Sooo... 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 Gut, das scheint ja... Ich glaub das geht, ne? Hört man mich? Ja, ne? Man hört mich, oder? Also ich hör mich laut und deutlich, so laut und deutlich, wie ich mich schon lange nicht mehr gehört habe. Ich muss heute leider ein bisschen... Ich muss heute auch ein bisschen testen. Ich werde euch heute ausnutzen als Testobjekte. Ich hoffe, das ist okay. Ach, ja. Ja, aber sehr leise. Okay, pass auf, dann schalte ich aber hier, dann mach ich... Aber so leise kann ich gar nicht sein. Ich bin hier teilweise schon im roten Bereich. Das müsste eigentlich... Benutz mich! Das müsste eigentlich alles funktionieren. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ja... Wunderbärchen. Mhm, 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 mhm... Mhm. Mhm, 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 mhm. So... Diskette ist lauter als eine ... Gut, die ist aber, die ist aber eh relativ laut, weil normalerweise... ... normalerweise laber ich ja hier nie. Also, eigentlich laber ich hier immer, aber normalerweise war das nie dazu gedacht. Oh, cool! Ich sehe gerade, OBS, das mit dem neuen OBS-Update steht hier, Datenträger voll in ungefähr 11 Stunden 20 Minuten Das ist ja nice, oh, das ist ja richtig nice Schön, so, OBS aktualisiert, Streamdeak XXL am Ausprobieren, die neue Audio-Verkabelung am Ausprobieren Ist alles noch nicht richtig eingerichtet, aber jetzt wieder mit dem digitalen Mischpult Jetzt wieder mit dem, ja, mit dem ganzen anderen Kappes, mit dem, ja, was ich gestern auf Twitter gepostet habe Der ganze Kram ist verkabelt, noch nicht endgültig Da warte ich noch auf ein paar Sachen, aber es funktioniert immerhin schon mal Da bin ich schon mal, da bin ich schon relativ happy So, gut, ähm, ich kann Gigabyte in Zeit umrechnen So, gut, ähm, pass auf, dann machen wir mal folgendes Ich werde, wie gesagt, ich werde euch heute ein bisschen missbrauchen Ich werde euch heute, äh, als Testobjekte, Subjekte, Objekte, wie sagt man denn bei Menschen Äh, werde ich euch heute, äh, ein bisschen, ein bisschen ausnutzen Denn ich will, so zwei, drei verschiedene Sachen würde ich gerne, äh, würde ich gerne austesten heute Ich hoffe, dass es funktioniert So, und wie gesagt, äh, hier beim Mischpult ist noch nichts eingestellt Das ist momentan einfach nur die Ruhe, äh, die Ruhe Stimme, quasi Ähm, da muss ich vielleicht später noch mal ein bisschen, vielleicht kann ich ja noch rumregeln Ich kann natürlich auch hier noch ein bisschen lauter machen, theoretisch Ich weiß aber nicht genau Ist das jetzt besser oder schlechter? Und wenn es im Hintergrund rauscht, das ist gerade der Kühlschrank Ja, nicht wundern, der, der kühlt gerade ein bisschen durch die Gegend Ist jetzt besser, alles klar Ist ja besser, ist ja besser Ja, okay, prima Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, dann würde ich schon mal vielleicht drüber schalten Hier ist meine übliche Epilepsie-Warnung Wer vielleicht an Epilepsie leidet, sollte jetzt ganz kurz die Augen zumachen, bis die Musik vorüber ist Und wir sehen uns auf der anderen Seite Eine Sekunde, ja, da steht noch frei ab 18, aber heute ist ja eher frei ab 15 Also, heute fangen wir schon ein bisschen früher an Aber ist egal, ich mach das übliche Intro Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite Moment, Moment, so, hier geht's auch schon los Ah, schön Oh, das ist laut auf den Kopf, wir räumen jetzt, geil Und erst mal abwacht Ah, schön, mach das! Und preço? Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, auf dem Bahnhofsklo wahrscheinlich. Ich mach mal ganz kurz eben ein bisschen mal gucken, ob das müsste alles funktionieren. Meine Brille ist nicht sauber, seh ich gerade. Aber jetzt erstmal, geht das alles? Das geht alles, ne? Ich hoffe, das geht alles. Ich hoffe, das geht alles. Es ist vielleicht alles noch ein bisschen bunter geworden. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, das wird immer schlimmer, hab ich das Gefühl. Es wird immer, weißt du, andere Leute immer alles so ein bisschen entschlanken, ja, alles so ein bisschen bla. Und hier immer noch, komm, gib noch mal ein bisschen rein hier, gib noch mal ein bisschen rein hier. Schön, es wird alles bunter. So, geiles Shirt, ja man, das Shirt. Ich trag's grad zum allerersten Mal, muss ich zugeben. Guck mal. So, trag ich gerade zum allerersten Mal. War vorher weiß, ich hab's falsch gewaschen. Nee, ähm, ja, auf jeden Fall. Was, ich bin leiser? Nein, 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 ich bin, oder? Ich bin gerade eigentlich ganz schön laut, oder? Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Das Sofa im Hintergrund, ähm, das wird noch ein bisschen, da ist grad noch so eine Endhaltestelle, weißt du, für verwahrloste Kuscheltiere. Das wird auch noch, das wird komplett noch ein bisschen, äh, das wird noch ein bisschen freigeräumt. Da will ich auf jeden Fall ein bisschen entschlanken, da müssen ganz viele Kuscheltiere raus. Da liegt noch ein alter Vorverstärker und was das ist, das ist grad das alte Stream Deck hier hinten. Da liegt noch das alte Stream Deck, ich hab mir das XXL, hab ich mir jetzt nach dem Urlaub endlich mal holen können, das kam ja während des Urlaubs raus, jetzt steht es hier auch rum und ich hab viel mehr Platz für Tasten, ähm, das heißt, viel mehr Platz für Tasten heißt aber auch viel mehr Platz für Spielereien und das heißt für uns aber auch, ähm, wie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kann ich da schon anfangen? Achso, da hab ich grad das drauf. Ähm, äh, ich muss ein paar Sachen zeigen. Ich hab so ein bisschen, du bist deutlich leiser als sonst, aber ich bin auch hier schon am roten Ausschlag. Ich müsste eigentlich bei euch, und ich bin hier im gelben Ausschlag, wenn ich das jetzt einfach hochdrehe, müsste ich bei euch lauter sein, theoretisch. Bin ich jetzt, bin ich lauter bei euch? Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen rumtesten, ich muss noch ein paar Einstellungen machen, ich hab das in der Praxis, konnte ich's noch nicht testen, weil, äh, irgendwie jetzt, äh, die ganze Zeit alles umgebaut, jetzt die letzten Tage, letzte Woche. Ich muss zugeben, ich hab letzte Woche nichts aufgenommen, äh, sagen wir mal, die Umstände waren nicht die besten, die Laune war vielleicht auch nicht grad die motivierteste, ähm, deswegen hab ich die ganze Woche nichts aufgenommen, und ich hab so ein bisschen, ja, äh, bei einigen Sachen hab ich so ein bisschen Selbstbeschäftigungstherapie irgendwie, ne, und so, und deswegen auch ein bisschen rumgeschraubt und pipapo. Lautstärke ist gut, sehr gut. Nicht noch lauter, laut genug, Ton ist super, das ist sehr gut. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt tippe, hört man mich voll laut, und man hört, glaub ich, den Bart leise kratzen ab und zu mal. Ich muss nämlich dringend zum Barbier, ähm, beim Essen mach ich ein Mikro aus. Kann ich ja jetzt auch. So, Mischpult ist, ähm, das Mischpult ist jetzt nämlich rübergewandert. Das ist jetzt, ich glaub, ich hab's schon bei der E3 gezeigt, ne, kann man, kann man nicht sehen. Hier ist das Mischpult auf dem iPad. Ich glaub, man sieht's gerade. Guck mal, immer wenn ich rede, dann gibt's da ein bisschen Ausschlag. Und wie man sieht, ist die Webcam ein bisschen abgedunkelt, aber das ist auch okay, weil es hier relativ hell ist. So, jetzt bleibt mal hier, ähm, so. Okay, verkaufst du dein benutztes Badewasser? Das haben wir schon letzte Woche gemacht. Da haben wir letzten Freitag ein bisschen gequatscht. Wir haben nichts gespielt, wir haben nur gequatscht über den Urlaub. Und, äh, da haben wir natürlich auch, am Ende, hab ich noch, äh, Badewasserfeil geboten. Wie bereits auf Twitter verkündet, ich musste sogar zwei-, dreimal baden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und, äh, jetzt muss ich natürlich meine Haut wieder langsam einfetten lassen, damit ich dann natürlich einen Gamer-Glanz wieder kriege. Ich glaub, hier unten, ne, man sieht's noch nicht. Aber hier unten ist's grad super warm im Keller, deswegen, ähm... So, ich mach mal ganz kurz eben, hab ich denn Musik irgendwo? Hab ich denn Musik, damit das Video wieder erfolgreich geclaimed werden kann? Das wär toll. So. So, ähm... Der nachfolgende Plan, ich hoffe, ist die Musik, ist die Musik leise genug? Hält man mich trotzdem gut? Wie gesagt, ich muss alles noch ein bisschen austesten. Ähm, wie gesagt... So, und jetzt schon geclaimed. Wie gesagt, ähm, hier wird grad ein bisschen umgebastelt. Auch das mit der Musik und mit den Spielen und sowas, das würd ich gerne in Zukunft alles übers Mischpult laufen haben. Ähm, da sich hier grad alles ein bisschen ändert. Und generell ändert sich gerade ein bisschen was. Was aber, glaub ich, eigentlich gut ist. Musik, bisschen zu laut und etwas leiser. Gut, das kann man jetzt momentan noch hier. Später hoffentlich mach ich das alles am Mischpult. So, ich glaub, das geht, oder? Gronto sieht fertig aus. Ne, das macht die Brille, das machen die Schatten der Brille. Der Brille mit Ü natürlich. Wie gesagt, ungewaschene Brille. Oh, schöne Haare auch wieder. Ähm, so. Zu laut, zu leise, ja, ist alles immer grundsätzlich. So, aber ich glaub, das mit der Musik sollte jetzt eigentlich gehen, oder? Das sollte hoffentlich gehen. Brille. So, wollen wir uns wieder Videos mit Tobi geben? Weiß ich noch nicht, ich muss erst mal Satisfactory aufnehmen. Also, Satisfactory wird auch einige Tage aufnehmen, weil ich am Dienstag, ehrlich gesagt, nicht, äh, sagen wir mal, ich war nicht happy genug für eine Aufnahme. Und deswegen hab ich am letzten Dienstag erst mal aussetzen lassen. Ich hab, ich hab vorhin gesehen, der Funk hat mir geschrieben, ich muss noch zurückschreiben. Ähm, nächsten Dienstag nehmen wir Satisfactory auf. Mit dem Tobi würd ich auch gerne wieder, aber vielleicht erst mal was streamen oder so. Ich weiß noch nicht genau, weil ich würde gerne auf dem Channel, ähm, auf dem Gronk-Channel, würd ich gerne ein bisschen, ähm, ähm, ja, die Gelegenheit nutzen und ein bisschen umgestalten quasi, weil in letzter Zeit waren halt fast nur noch LPTs auf dem Channel. Und das fand ich, also es hat immer Spaß gemacht, keine Frage, aber es war halt einfach auch zu viel. Es war einfach zu viel LPTs und zu wenig von dem, was eigentlich, äh, ne, was wir normalerweise auch mal auf dem Channel hatten. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich vielleicht mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen die Klassiker, weißt du, wieder ein paar Trash-Games machen, mal wieder ein bisschen Horror machen. Ich weiß, das sag ich schon seit Ewigkeiten, aber tatsächlich war es nicht machbar, weil wir einfach zu viel, es waren zu viele Hauptprojekte und zu viele langfristige Projekte auf dem Channel. Ich konnte dagegen nicht anstinken. Und ich will wieder ein bisschen, naja, das versuch ich ja die ganze Zeit und jetzt würd ich einfach die Gelegenheit nutzen, sozusagen. Hört sich jetzt doof an, aber, naja. Ich hab's auf Twitter gesagt, das Positive auch im Negativen sehen. Deswegen würd ich das gerne mal machen. So, deswegen mit Tobi immer gerne, aber vielleicht mal zusammen streamen erst mal oder so. Seven Days würd ich gerne auch noch mal mit dem Patch probieren, aber wie gesagt, ich will nicht wieder zu viel auf den Channel ballern und bla bla bla, sondern lieber so ein bisschen mehr Ausgesuchtes. So, Prost. Mhm. Ähm. So, und genau, wo's grad angesprochen wird, der Retro-Channel liegt viel zu lange brach. Auf dem RPG-Channel, ähm, ist Grim Tales inzwischen vorbei. Das heißt, ähm, da sind noch zwei weitere Channel, da würd ich dann gerne auch noch pro Tag irgendwie jetzt irgendwie hinkriegen, wirklich ein Video zu schaffen. Vielleicht mit kleinen Pausen, aber, äh, dass da wirklich auch sonst möglichst täglich was kommt. Und nicht so brach liegt, wie aktuell der, der Retro-Channel, was mir ein bisschen, naja. Ja, was ich aber gerne, äh, was ich aber noch für Streams und so hab ich ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe, das geht jetzt, wo wir grad bei Retro-Games waren. Ähm. Wir testen das jetzt mal. Pass auf. Das hier war der E3-Bildschirm, ne? Den, ach so, das hab ich jetzt umgebaut. So, der sah so aus, ne? Genau, den kennen wir noch von der E3. Der funktioniert noch. Das war der Torque-Bildschirm. Der Privy-Bildschirm ist jetzt umgewandert. Das ist alles noch ein bisschen, ich muss es in der Praxis noch ein bisschen testen. Ähm. Und wenn es rauscht, es liegt einfach daran, dass das Mikro in meinem Bad hängt. So. Ähm. Pass auf. Hier ist hoffentlich grad nichts an. Ist da was an? Nein. Okay. Probieren wir mal. Oh, hier fehlt der Chat noch. Eigentlich sollte hier unten der Chat laufen. Den hab ich vergessen einzubauen. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja nicht so wichtig. Das sind ja nur die ganzen Mobber, die ja mal einschalten. So, was ich auf jeden Fall, ähm, probiert habe. Pass auf. Nee, warte. Ich mach das andersrum. Ich mach mal andersrum. Ich geh nochmal schnell zurück. Ähm. Oh. Ähm. Es trifft ja nicht die Falschen. Scheiß auf Chat. Okay, pass auf. Ähm. 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 Ich habe jetzt hier zum Beispiel, da habe ich schon eine Aufnahme gemacht, aber das Save-Game ist weg und ich habe es eigentlich schon fast durchgespielt. Ich starte mal kurz eins dieser Retro-Games, ja. So, ihr werdet das gleich hören. Es ist das, was eigentlich kommen müsste als nächstes auf dem Retro-Channel. Das ist wahrscheinlich sehr laut gerade. Sehr laut. Es ist sehr laut wahrscheinlich. So, warte, jetzt mal testen. Mal gucken, ob es geht. Geht das? Ah, es geht. Mhm, mhm. Es ist natürlich ein bisschen sehr laut. Es ist sehr laut. Ich kann es gerade nicht leiser machen. Okay, ist aber ein bisschen klein, deswegen probiere ich mal ganz kurz den hier. Oh, das ist noch der falsche Titel hier. Gut, aber es funktioniert. Okay. Mal schnell, ja. Okay, ich mache es schnell wieder weg. Das wollte ich mal ganz kurz gucken, ob es funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Willst du uns töten? Die Lautstärke geht. Ich kann die nicht anders einstellen. Das ist bei der DOS-Box leider immer so. Ähm, die DOS-Box ist immer sehr laut. Also die DOS-Spiele sind alle mega laut. Äh, der PC ist schmutzig. Putzfrau krank oder gestorben. Das war natürlich ein super alter Retro-PC. So, ich wollte nur ganz kurz gucken, ob es auch alles funktioniert. Ähm, aber ich bin noch ein bisschen, ist das nicht zu viel Schnickschnack? Da bin ich ein bisschen unsicher, ob das nicht zu viel Schnickschnack ist. Ähm, für Let's Play ist das natürlich ungeeignet. Aber wenn wir Retro-Spiele im Stream spielen, vielleicht mal als kleine Spielerei so zwischendurch. Wie gesagt, ich musste mich die Woche irgendwie beschäftigen. Da musste ich mich ein bisschen selbst beschäftigen. Vielleicht nicht unbedingt mit den Sachen, die sinnvoll sind. Aber manchmal ist da ein bisschen Unsinn auch schön. Zum Beispiel auch, ich gucke mal ganz kurz, ob ich das hier hinkriege. Ähm, und das wird furchtbar. Äh, ich muss mal kurz was, ne? Also ich möchte, ich möchte dem Beispiel von Funk einfach folgen, was das angeht. Ähm, ich mache ihn da halt komplett nach. Ist das hier gerade verdreht? Ja, okay, jetzt habe ich es entdreht. Ich werde dem Beispiel von Funk folgen. Einige von euch, ne? Also die meisten wahrscheinlich, ich kenne ja den, äh, diesen sexuellen Funk-Royal. Der macht ja immer erotische Livestreams hier auf Twitch, ohne es zu wollen. Der sitzt einfach nur da und schon ist es ein erotischer Livestream, sobald der drin ist. Der ja auch während der E3 zum Beispiel hier, weil er mitmoderiert hat und so. Das ist der Funk. Und, ähm, wir haben ja festgestellt, der Sexgeist. Wir haben festgestellt, der Funk macht ja nur noch Mobile-Streams, ne? Und deswegen wollte ich mal, ich wollte mal gucken, auch das müsste theoretisch, äh, das müsste auch hier gewesen sein, da wo der Chat noch fehlt. Geht das? Ah ja, das geht. Wenn wir zum Beispiel also, Mist, jetzt ist die Chat-Einblendung gerade nicht da, aber ich mache mal ganz kurz hier den hier. Oh, das ist falsch rum. Gut, das ist falsch rum, das funktioniert leider nicht. Gut, ich mache mal schnell... Nein, ich will keine Belohnung. Lass mich in Ruhe, du Mörder-Vibe. Okay, pass auf, dann probiere ich mal was anderes. Dann mache ich nochmal schnell den hier. So, mal ganz kurz. Und dann mache ich mal hier. Das müsste gehen, das ist hochkant. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil einige sind hochkant, einige sind quer. Also horizontal, vertikal. Für vertikal habe ich auch was. Äh, für horizontal. Nein, ich möchte auf keinen Fall Mitteilung haben. Play as Guest, okay. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das mache. Ich brauche hier noch was zum Hinstellen für das Ding bei Hochkant. Ähm, und dann können wir zum Beispiel auch gemeinsam im Stream diese Choices-Spiele spielen. Und ich weiß, ihr wollt das, aber wir brauchen den Chat dafür. Und ich habe den Chat momentan nur hier. Romance. Ich sehe gerade Romance. Alles klar, Leute wollen Romance haben. Warte, 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 warte. Äh. Ähm, so. Coinmaker, nein. Episode ist besser. Ich teste das ja gerade nochmal mit euch. Okay. Pass auf, wir machen mal, wir machen mal. Young Adult fällt ja direkt raus. Wir spielen Young Adult. So. Adult. Ähm. Ich mache mal, ich mache mal Young Adult. Mhm. High School Story, Book One. Und ich bin mir sicher, das wollen wir alle spielen. Äh. Äh. Ich finde das eigentlich sehr gut. Ähm. All on the first day. Sony Claim incoming. Der Chat fehlt mir ein bisschen hier unten. It is the first day. Don't know where I stand anymore. I've got my hands in my pockets. I'm staring down at the floor. Juhu. Okay. Ja, ist der laut? Oh. Oh. Give it time. It's okay. Yeah, if I don't figure out anything out overnight. Ist besser? It's too late to turn back and now I gotta fight. One, two, three. Gotta be everything that I can. I might fail. If that's the way it's gotta be. Alter. Richtige Konkurrenz für E-Guy heute. Schön. 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 So. Hm. Jetzt ist die Frage. Das ist die Frage. Ah, ist klar. Diverse. Ja, die gibt's leider nicht. Diverse geht nicht. Boah. Diese Hook nimmt mich einfach komplett mit. Wuh. Okay. Apache Helicopter. Okay, pass auf. Wir nehmen natürlich hier Girl, ja? Wir sind natürlich ein Girl. Girl. Ein Girl namens Jordan. Ach nee, Jordan ist ja auch ein Frauenname, oder? Gibt's da nicht diese hier vom Emergency Room oder so? Meine Brille sitzt immer schief. Die ist kaputt. Ähm. Ich bin eine Frau. Ich die das. Äh, warte. Was nehm ich denn mal? Wie soll die denn mal heißen? Oh, das Lied, ne? Bärbel. Okay, pass auf. Äh. Oh, geht gar nicht. Gökhan geht gar nicht. Okay. Bärbel geht auch nicht wegen Äh. Leider. Die Brille ist immer noch kaputt. Klar, ich war noch drei Wochen weg. Meinst du, ich repariere die im Urlaub, oder was? Mir ist das doch egal. Ich muss mich ja nicht angucken. Ähm. Komm, wir machen mal. Wir machen mal. So. Die ist ein bisschen wie Jordan. Jens. Nachname. Jens, äh. Jens. Äh. Jens Hackmet. Ist ein guter Name. Jens Hackmet ist ein guter Name. So, Phase 1. Okay. Ach so. That's the way it's gotta be all approved. There's more to me than what you see. Weil die so Musik, ne? Sag mal. Phase 1. Phase 2. Das ist doch immer das gleiche Face. Das ist immer das gleiche Face. Die Haut ist dunkler, aber das Face ist doch gleich. Gut, komm. Ich mach mal hier so. Item chosen. Okay. Es geht gleich los. Warte, 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 warte. Die Variation ist umwerfend. Die ist, ja, das ist, äh, so. Okay. Wenn ich auf den Pfeil drücke, passiert das hier. Wenn du den meinst. Äh, Short Layers. Layers of Fear. Cute and sassy. Fun and carefree. Oh, ist so fun. Die Jahre sind so fun. Oh, Glam Length. Schwierig. Schwierig. Rainbow Streaks. Das ist der traurigste Regenbogen, den ich je gesehen habe. Ich bin mir nicht... Oh, was? Da steht da bei this item. Ist das wirklich bei this item? It is the first day. Don't know where I stand anymore. Fängt ja gut an. Okay, pass auf. Ich guck mal ganz kurz. Die sind schon ganz cool. Das muss ich kaufen, das mach ich nicht. Das will ich auch nicht kaufen. Ja, dann mach ich... Ich mache... Ich mach hier, ne? Ich bin carefree. Ist das okay? Die schönen Haare kosten. Und wenn ich zum Friseur gehe, erwarte ich, dass das umsonst ist, ja? Weil, was er da macht, ist ein Dienst an der Gesellschaft. Oh, diese Musik. Ich will, dass die Musik... Oh. Mach die Musik aus. Geht das? Oh, danke. Alter, die Musik. Pass auf, da mach ich mal... Ich mach mal hier. So. Bouncy gehört... Ja, die Musik passt doch viel besser jetzt. Schade, dass der Chat hier unten nicht eingeblendet ist, aber wir testen ja gerade nur. Ähm... Ähm... Okay. Das ist die 10 Stunden Version. Das ist Jens. Das ist richtig. Ähm... Dann gucken wir mal ganz kurz. Also, wir haben 65 Diamanten. Ich geb das mal für diese Frisur aus. Ich mach das mal einfach. So. Sieht toll aus. Kostet mich ja nix. So. Love it. Last but certainly not least. Pick your first outfit. Mein erstes Outfit. Joggen. Oder... Cool for school. Das ist aber ein bisschen... Das ist ein bisschen 90s so, ne? Ähm... The Bombshell. Ah, ja. Hm. Äh, äh. Buy this item. Das kostet natürlich gleich wieder. Das ist bauchfrei. Je weniger Stoff, desto teurer wird's. Das ist die Faustregel bei Damenbekleidung. So. Dann haben wir hier noch Cardi Cutie. Das, äh... Kann man auch online kaufen für 500 Euro. Und dann gibt's hier noch Dare to be different. Ist das... Ist das different? Oder ist das nicht einfach nur... Weiß ich nicht. So. Bitte erotische Musik. Ich hab leider keine erotische Musik. Hab ich leider nicht. Warum sollte ich ne Playlist mit erotischer Musik im Studio haben? Abgesehen von der Couch. Und da hinten natürlich unser Freund. Aber... Äh... Cool for school Cardi Cutie. Aber Morning Jog ist doch... Ist das nicht... Ist das nicht auch sympathisch? Ah, ich kann... Ich kann nicht hier wechseln. Okay. Hm? Ja, komm. Wir machen... Wir machen einfach mal Morning Jog hier. Machen wir einfach das ganz... Ganz casual einfach. Schlabberklamotten. Ganz easy. So. What do you think? Ja, das ist super. This look is... Perfect. Ich würde das nicht normal machen. Du hast das Closet aufgeschlossen. Du kannst dich jetzt im Closet umziehen, wenn du möchtest. Das geht ganz gut. Wenn man keinen Schrank hat, reicht auch das Closet. So. Kapitel 1. Der erste Tag. Ich frage mich. Spielt er die ganze Zeit diese Musik immer noch? So. Ah. Du kommst an, an der Oliver M.Berry High School. Ein paar Minuten, bevor die Schule startet. Und du siehst, wie ein paar Schüler vorbeilaufen. Hallo? Der Julian! Der Julian Beon. Hallo, ich bin's. Der Julian Beon. Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt in unserem Seniorenjahr sind. Das wird geil, Alter. Das wird richtig geil. Ich bin's. Der Julian. Nishan? I know. Calculus? What? Gotta be epic. Das wird großartig. Oder ist das, ist das, darf ich so nicht reden? Ist das dann auch wieder irgendwas, äh, offendiges? Der, aber der hat halt nun mal eine Stimme. Eine, eine eigene Stimme. So. Das ist Peyton. Und Homecoming. Spider-Man Homecoming. Kommt bald im Kino. Und ich sollte auch so ein Date finden. Das wird bestimmt schwer. Oh Gott. Das ist mir. Die redet halt so. Eine Lady verriet ihre Geheimnisse nicht. Ich muss nur kurz überlegen, warum die Frau Jens heißt. Ich muss nur kurz überlegen. So. Oh, die sehen alle so cool aus. Aber, was? Aber die sind alle schon sehr gute Freunde. Außer ich, offenbar. Ich kann ja nicht einfach zu denen hinlaufen und sagen, Hi, ich bin's, der Jens. Ich bin grad hierher gezogen. Wollen wir befreundet sein? Du gehst an den Schülern vorbei und kommst auf den Pausenhof. Mhm. Das ist der Pausenhof mit einer riesigen Miezekatze. Und da spricht uns auch schon der Herbst an. Ja, der Herbst, das ist so eine Jahreszeit. Und die kann sprechen mit uns. Hey, du bist neu. Ich liebe deinen Look. Weil wir mit unseren Schlabberklamotten in die Schule gekommen sind, liebt sie unseren Look. Das ist einfach, das ist nämlich der to be different. So. Kann ich ein Foto von dir neben der Tigerstatue haben für das Jahrbuch? Ja, ist okay. Sagte Jens. So. Du bekommst dein erstes Jahrbuchfoto. Durch das Spiel hindurch wirst du mehrere Gelegenheiten haben, diese besonderen Bilder zu sammeln von dir und deinen neuen Freunden. Denn du brauchst keine echte mehr. Du hast jetzt dieses Spiel entdeckt. So. Einige Jahrbuchfotos werden nur erscheinen, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst. Du kannst aber das gesamte Buch nochmal neu spielen, um sie alle zu sammeln. Denn das ist, was jeder von uns möchte. So. Wir testen das aber gerade nur. Ihr wisst das ja. Erster Tag. Mit ihren Schlabberklamotten von zu Hause. Das ist ein wunderschönes Bild. So. Wir haben ein von 13 Fotos haben wir schon gesammelt. Wir sind fast durch. So. Die Frage ist aber... Ach so. Ja gut. Das sieht perfekt im Jahrbuch aus. Ähm. Sag irgendwas, Jens. Lass sie nicht einfach davon gehen. Sie geht davon. So was. Okay. Komm schon, Jens. Das ist doch gar nicht wie du. Du warst doch schon mal der neue Schüler an der Schule. Der neue Schülerin an der Schule. Das sollte doch keine große Sache sein. Eine Stimme. Hey, geht's dir gut? Du siehst ein bisschen aus wie ein Reh im Rampenlicht. Du drehst dich um und ein blondes Mädchen lächelt dich an. Oh, hallo. So. Machst du mich an? Das ist natürlich gleich die erste Entscheidung. Ähm. Machst du mich etwa an? So. Das spielst du heute aber durch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange die Dinger gehen, ehrlich gesagt. Ich wollte es eigentlich nochmal testen. So. Ihr sagt Nummer 2. Chat sagt Nummer 2. Man kann es hier gerade nicht sehen, weil ich den Chat immer noch nicht eingebaut habe, weil ich sehr faul bin, wie man sieht. Ähm. Aber der Chat entscheidet sich sehr deutlich für Nummer 2. Außer es ist die falsche Entscheidung. Dann werden hinterher alle sagen, wir haben doch gesagt, nimm Nummer 1. Das wird passieren. So. Machst du mich an? Was? Nein, ich... Das würde ich niemals tun, sprach Emma. Emma wird plötzlich sehr, sehr rot. Purpurrot. Gibt es ein Purpurrot? So. Ach, Entschuldigung. Das nehme ich zurück. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Das schwöre ich. Doch, das wollten wir alle. Seien wir mal ganz ehrlich. Das wollten wir doch alle. So. Chat jetzt. Wir haben doch gesagt Nummer 1. So. Ich dachte nur, vielleicht bist du... Vielleicht hast du dich verlaufen. Naja, ich hab gedacht, vielleicht kannst du auch einen Freund brauchen. Eine Freundin. A friend. Ach ja, im Amerikanischen gibt es ja gar nicht. A friendin. Ne, sowas gibt es ja im Amerikanischen gar nicht. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich mal besetzen, dass ich da auch den richtigen Tonus treffe. So. Es ist Jens. Der geile Jens. Der geile Jens. Der geile Frau Jens. Der geile Jens. So. Boah, ist das schön. So. Ist ganz schön laut. Warum ist das so laut? Kann ich das leiser stellen, ne? Ach so, klar. Ich hab ja vergessen. Oh, nee. Ich kann das nicht leiser... Warte, kann ich das hier... Nee. Ich kann es nicht leiser stellen. Trotz iPad. So. Entschuldigung. Das war mein Fehler. Ich hab vergessen, dass da immer nur so eine Minute Loops kommen. Das war... Das war der neue Chart-Erfolg. Der geile Frau Jens. Ähm... So, wir brauchen Freunde. Ja, ich glaub, ich könnte ein paar Freunde gebrauchen hier, ne? Das, äh... Hier ist echt so... 50% ist hier ganz geil. Und 50% sind total atemberaubend. So wie du zum Beispiel. Mh... Ich weiß gar nicht, wo mein Zimmer ist. Äh... 225 B. Wie viele Räume hat denn diese Schule überhaupt? Warte. Das ist ja auch mein Zimmer. Zufälligerweise. Die holt sich immer die Newbies hier ab, weißt du? Und dann, äh... Oh, das ist ja auch mein Zimmer. So. Komm mit mir, wenn du leben willst. Ich möchte doch nicht, dass du am ersten Tag zu spät kommst. So. Du und Emma findet euren Weg durch die Bastling-School, also durch die sehr vollen, wie man sieht im Hintergrund, sehr, sehr volle, ähm, Wege der Schule. Sehr voll. Sehr überfüllt, diese Schule. So. Äh... Hier sind wir auch schon. Okay. Sehr wenige Entscheidungen bis jetzt, ne? So. Mhm. Du betrittst den Klassenraum und siehst, dass alle Plätze besetzt sind. Also die meisten Plätze sind besetzt. Wie man ganz klar im Hintergrund erkennen kann, sind die meisten Plätze besetzt. Und ich möchte nochmal festhalten, es ist unser erster Tag an der Schule. Unser erster Schultag. Und es ist die erste Stunde, an der wir teilnehmen. Und wie man sieht, kommen wir pünktlich um 10 vor 3 in die Klasse. Um 10 vor 3. Welche Stunde ist da? Die siebte, die achte? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Schön. Also, wahrscheinlich auch Sommerzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Blinkt die Uhr ein bisschen? Guck mal, die... Bei der 10, da ist irgendwie so ein Effekt drauf, dass die manchmal aufleuchtet. Ich weiß nicht warum. Flump. Gut. 10 vor 3. Alles klar. Die zehnte Stunde. Auch gut. Gab halt Ausfälle den Tag über. Gut. Ähm, ja. Alle Plätze besetzt. Das ist natürlich schade. Aber schon kommt Sydney. Sydney ist eine Stadt. Die kommt sofort zur Hilfe. Ja, ich hab meinen Lieblingsstuhl. Die einzigen Stühle, die übrig sind, sind ein paar ganz vorne und ein paar ganz hinten. Komm, wir holen uns die ganz hinten. Bevor sie auch nur ihren Satz beenden kann, läuft ein Mädchen an dir vorbei und lässt sich einfach auf einen der Stühle fallen, wie ein nasser Kartoffelsack. Morgen, Kinder, wird's was geben. Äh, was? Du niest, du verlierst, was? Ist nur so los. Achso, du schnarchst. Äh. Wer schneicht, verliert. Dieser hier gehört mir. Und der da drüben gehört Michael. Dem schönen Michael. Ein Typ, der hinter ihr latscht, ähm, rempelt dich ganz aus Versehen an. Was tust du? Versperrst du ihn im Pfad? Oder starrst du ihn einfach nur an? Chat, was tut ihr? Michael Rubinius. Alles klar. Der Chat stellt sich in den Weg. Das ist ein harter Chat. Schlägerei empfangen. Das ist ein harter Chat. Hm, hm, hm. Also. Ihr seid schon richtige, ihr seid schon richtige Gangster, lieber Chat. Das muss man einfach mal sagen. Wir stellen uns dem schönen Michael in den Weg. Du bist in meinem Weg. Oder vielleicht, hm. Oder vielleicht ist ja auch andersrum. Wir sind ja die schöne Jens. Wir sind ja auch schön. Sieh mal. Ich versuche nur zu meinem Platz zu kommen. Dein Platz? Entschuldige mal. Ich hab deinen Namen gar nicht drauf gesehen. Oder. Oh, wie gedankenlos von mir. Oder. Vielleicht könnt ihr hier auf deinem Schoß sitzen. Da läuft der Alte aus wie ein Slushy. Ich brauch gar nicht. Ich muss nicht mal in den Chat gucken, um zu wissen, was da kommt. Es war mir so klar. Es war mir so klar. Ich, ich, das, äh, ja. Gut. Da muss ich, äh. Ich hätte blind sofort tippen können. Ganz ehrlich. So. Der notgeile Chat entscheidet sich natürlich für die Slushy-Version. Oh. Relationship improved. Oh. Oh. Der schöne Michael. Wir haben besseres Standing. Beim, oh, beim schönen Michael. Entschuldigung. So. Ähm. Das, wenn du auf meinem Schoß sitzt, wird es schwieriger für mich zu, mich zu konzentrieren, weil das ganze Blut aus meinem Gehirn ja dann woanders hinläuft. Und zwar in seine wütende Halsschlagader, weil seine Beine langsam einschlafen. So. Ja, das war ja die Idee dahinter. Ich möchte, dass kein Blut mehr in deine Beine fließt, damit sie dir später abgenommen werden müssen. Sagt dir der schöne Jens, der immer seine Stimme wechselt. So. Äh. Oh Gott, manchmal habe ich Schwierigkeiten, das zu übersetzen auf Deutsch. Deine Art von Bösartigkeit gefällt mir. Aber, ich möchte mir ja nicht die Beine abnehmen lassen. So, warte. Ich, wa, 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 wa. Gibt's das nicht auf Deutsch alles? Kann ich das nicht selber, kann ich das nicht selber ersetzen? Also nicht selber übersetzen, meine ich. Ich würde tolle Geschichten schreiben. Ehrlich. So. Ja, ja, du wirst dich vielleicht zum Blut abnehmen. Ich habe keine Ahnung. Die Stimme von Michael passt nicht. Dann mach doch einen eigenen. Mh. So, Entschuldigung. Oh. So, sollte der nicht der schöne Michael ein schönere Standing haben? Hat er doch. Hat er doch. Raincheck ist ein Gutschein. Ja gut, der Jens schnappt sich einen Gutschein. Okay. So. Nachdem Michael sich auf seinen Platz gesetzt hat, drehst du dich wieder zurück. Zu Emma. Ja. Ja, sieht so aus, als müssten wir jetzt vorne sitzen, wa? Ich. Ich kann doch nicht da sitzen. Keine Sorge. Das ist nicht ganz so schlecht. Ich mein, sicher. Man wird ein bisschen öfter drangenommen. Darum geht's doch gar nicht. Aber ich kann nicht neben Kaleb sitzen. Kennst du Kaleb? Das ist die deutsche Aussprache. Das ist richtig so. Kaleb. Kaleb, Kaleb, Kaleb. Dein Blick schweift über zu einem süßen Jungen mit einem großen Lächeln, der mit seinen Freunden ganz vorne redet. Ah, dieser Junge. Er ist süß oder meh, meh. Es ist Kaleb. Kaleb, oh Eis. Es ist Kaleb. Und der Chat muss sich entscheiden, wie findet ihr Kaleb? Hot or not? Hm? Schwül oder kühl? Heiß oder nice geht nicht, ne? Heiß oder scheiß? Nice oder scheiß? So. Der Chat sagt so zwei. Chat ist nicht begeistert. Hm. Hm. Chat ist nicht so begeistert von Kaleb. Schade. Kaleb, es tut mir leid, aber du bist leider eher so... Mäh. Die Animation, krass. Oh, ich meinte nur, ich meinte, ich denke, er ist so... Ach, ach du, ach du... Hä, du magst den? Nicht so laut. Kaleb ist außerhalb meiner Liga, denn ich sehe aus wie Sabrina, die Hexe aus der damaligen Serie von ProSieben. Er ist jetzt in irgendeinem Sportler-Team und macht da irgendwelche Sportler-Dinge, die sportlerisch an der Schule sehr angesehen sind. Und der ist super nice und witzig und süß. Ach, hier, der Golden Boy, äh, hier, äh, äh, Rugby-Gott. Verstehe. Hm, toll. Also setz dich neben ihm, ja? Gib mir mal einen Puffer. So. Ich find's erstaunlich. Erstens, alle Plätze in der Schule sind frei. Die Gänge sind frei. Aber draußen stehen eine Milliarde Autos. Eine Milliarde Autos stehen da draußen. Obwohl die hier doch wohnen, glaub ich, ne? Die wohnen die nicht auf dem Campus in Amerika? Wohnen die da nicht? Rugby-Trigger. Also, schön. Er ist Receiver und kann somit alle Sender empfangen. Ach, ein Traum. So, pass auf. Also, du setzt dich hin und Kaleb dreht sich zu dir um und grinst dich an. Ist aber eher so ein Joker-Grinsen wahrscheinlich. Hi. Du musst neu sein. Willkommen bei der Berry. Hi. Ich bin Kaleb. Hi, Kaleb. Ich bin Jens. Ich bin deine nächste Freundin. Ich bin die Wing-Frau von Emma. Heißt das nicht Wing-Wummen in dem Fall? So, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Chat muss sich entscheiden. Erstaunlicherweise wählt man hier die drei. Jetzt hab ich mal ne Frage. Verpetzen wir damit Emma nicht? Bringen wir sie damit nicht in ne blöde Situation? Und ich bin überrascht, dass der Chat sich nicht für die zwei entscheidet. Was ist da los? Vertraue dem Chat nicht. Ja, nein. Sowieso nicht. Zum Glück geht's ja nicht um mich heute. Ähm. Gut. Wenn ihr die drei... Ja, dann... Ach, darum geht's ja. Ihr wollt die bloß stellen. Ach so. Oh, Kaleb ist doch Mäh. Ja gut, das hat euch ja nie gehindert. So. Ähm. Hm. Ja gut, dann sind wir Emmas Wing-Man. Dann machen wir das. Wenn Chat so sagt, dann machen wir natürlich hier. So. Ach, weißt du? Emma hält einfach nicht ihre Fresse, wenn's um dich geht. Die kann nicht aufhören zu labern. Kaleb ist süß. Kaleb ist so nice. Guck mal seine Muskeln. Ich würde seinen Körper gern mit Sprühsahne ablecken. Kaleb hier, Kaleb da. Nur gute Dinge hoffe ich. Ich... Äh... Natürlich. Was? Von dem, was ich gehört habe, musst du wahrscheinlich der heißeste Liebeskandidat an der Barry High sein. Der Jens ist halt eine Ehrliche. Das ist richtig. Oder die Jens. So. Oh. Oh. Haha. Erzähl das nicht meiner Freundin, die ich mir auf keinen Fall ausgedacht habe. Freundin. Oh, ich wusste nicht, dass du... Oh, 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 der feine Herr. Oh. So. Du wirst gestört, als der Typ hinter dir, der hinter dir sitzt, ja, der schaut jetzt endlich mal von seinem Telefon im Unterricht nach oben, während ihr nette Gespräche führt im Unterricht um 10 vor 3. Ähm. Und er... Er groant. Was gibt's denn? Gibt's denn? Grumpft. Was gibt's denn da für deutsche Beschreibungen für? Er... Er grumpft? Weiß da jemanden? Ich... Er grummelt? Ja, stöhnen eigentlich, ne? Aber ich find das im Kontext schwierig. Ja, sagen wir mal... Sagen wir mal ein grummeliges Aufstöhnen. Ja? Ein grummeliges Aufstöhnen. Es ist der Brian. Äh, Bro, redest du immer noch über Zoe? Ach, du hältst immer noch viel zu sehr fest an der Puppe. Äh, mh, mh, mh. Ich mein, klar, ja, sie ist heiß und so. Und super heiß und all das, ja. Aber du redest über die, als wäre die jetzt irgendwie deine Frau oder so. Und Frauen sind nur lahm. Wow, das ist aber... Ich seh... Brian von Darf. Schön. Ich sehe, also... Bei dem Brian... Darf liegen den Damen und den Herren die Höschen weg. Kumpel, eines Tages wirst du dich auch verlieben. Und du wirst feststellen, dass langweilig das Schönste auf der Welt sein kann. Ich find die Aussage sehr schön übrigens. Also, also wirklich ist wirklich... Ja. So. Gut. Oh, du klingst wie meine Mom. Und die ist die uncoolste Person, die ich kenne. So. Wow. Oh, gibt's irgendwas, was du mir mitteilen willst vielleicht? Ich wollte nur mal fragen, was genau hat dich so gemacht? Bist du Single? Äh, nichts. Oh nein, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht, Chat. Nein, es geht schon los. Nein, es geht schon los. Nein, Chat, bitte nein. Oh nein. Oh nein, Chat. Warum nur? Was hab ich euch getan? Viele Leute wählen die 1. Aber überwiegend sehe ich hier leider... Die Leute wollen die Welt brennen sehen Ich weiß das genau Na gut Ja, dann Hör mal Briann, sag mal, bist du Single? Für dich? Ja, Sie Scherfisch Nidde Und, äh, hast du heute Abend, äh, Schwein? Bist du busy? Ja, naja, ich, ähm, ich schmeiß ne Party, weißt du? Meine Eltern sind zufälligerweise wieder unterwegs, äh, die Nacht über Kommen dann aber unerwartet früher nach Hause Während wir eine Party schmeißen Wo dann auch die Möbel kaputt gehen Wo Teenager unbeachtet in den Pool geschmissen werden Und wo natürlich jeder irgendwie versucht, Alkohol mitzubringen Mit gefälschten, mit gefälschten Personalausweisen Wie man das noch gar nicht aus Teenie-Filmen kennt Du könntest aber kommen So Aber, hier, lass mal, lass mal deinen kleinen Zeitkick zu Hause, ja? Ähm, äh Ähm Sorry, dass ich das sagen muss, aber weißt du Wir haben schon gewisse Standards, ja? Wir sind die Geilonen Natürlich, ja klar Ja klar, weil Emma ist ja auch Emma ist ja auch so hässlich einfach, ne? Also immer wenn die hier aufploppt, ich wette Überall sitzen gerade die Leute zu Hause und müssen immer kotzen Wenn die hier aufploppt, weil die so unglaublich ugly dargestellt ist So unglaublich hässlich Hat man noch niemanden gesehen Also, wow Wow Es ist so dumm einfach Es ist einfach so dumm So Standards Wo liegen denn da die Standards, bitte? So, weißt du? Und ich mein, guck dir mal Brianne an Das alte Pickle-Face So, das ist einfach Ach ja So Emma steht auf Und geht zur Tür Als gerade Der Lehrer hereinkommt Um 10 vor 3 Inzwischen wahrscheinlich 3 Mrs. Maddox ist es Hä, das sieht doch aus wie die Mutti bei Stranger Things Wo hat er los? So Ja, falls du es noch nicht bemerkt hast, Emma Die Klasse fängt jetzt an Der Unterricht beginnt Ich Ich guck nicht wieder Sie rennt aus der Tür Das war großartig Bitte sag mir, dass das vielleicht irgendjemand auf Video hat Ich möchte es gerne später noch auf meinen YouTube-Channel appen Wo meine Mutter schon Abonnent ist Ja, du musst aber nicht immer so ein Arschloch sein, weißt du? Oh, Kumpel, kommt schon Das war lustig Mrs. Maddox schaut ihr in die Augen Und dann packt sie einen Ja, so ein Ich weiß gar nicht, was heißt das? Ein Hallenausweis Ein Flurausweis Auf deinen, äh Auf deinen Tisch Es sieht so aus, als sollte jemand mal nachprüfen, was mit Emma ist Man braucht in Amerika für Leute, die es nicht wissen Wenn du, äh, aus der Klasse gehst oder aufs Klo willst oder so Gibt es immer so Fluraufsicht auf den Fluren Damit da keiner rumbummelt oder trödelt oder klemmt Und deswegen brauchen Schüler, die aufs Klo gehen Und so, die brauchen immer so einen Flurausweis Glaube ich Ich kenn das auch nur aus Serien Ich hab das ja auch noch nicht gehört So, warte, 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 warte Äh, ich trinke nochmal ganz kurz Ähm So Ach, wegen Amoklauf auch Okay Gut, das hab ich nicht bedacht So Gut Oh, das war ja gut Mhm Das klappt alles sehr gut Aber das, äh, vielleicht gibt es ja ab und zu mal so ein No-Signal Ist alles Geht leider nicht alles fester, als es gerade ist So Während Highschool-Story Was wir hier gerade alle spielen, ja Ähm Hast du die Gelegenheit Immer mal wieder ein paar befreundeten Schülern auszuhelfen Deine Deine Freundschaften Zu zementieren quasi Und vielleicht auch ab und zu ein paar romantische Gelegenheiten zu nutzen Wow 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 Alles klar Und jetzt sind wir an dem Punkt Wo ich sagen würde Das war lustig Aber das möchte ich nicht unterstützen Denn das ist Pay for Win Das ist Pay for Win In seiner Wow In seiner plumpsten Form quasi Das ist ja richtig Ne richtige Plump Boah ist das plump Wow ist das plump Die positive Entscheidung kostet Ingame-Währung Von der ich noch nicht mal weiß Wie man die kriegt Wow Tja Das war lustig Spielt das nicht Spielt nicht dieses Spiel Macht es nicht Also wir können unsere Diamanten Wir können jetzt aufhören Oder wir können unsere Diamanten noch ausgeben Aber ich werde es definitiv nicht weiterspielen Und ich glaube wir kommen auch nicht so weit Oder Ehrlich gesagt Ich möchte es aber gar nicht weiterspielen Wir wollten ja eh nur testen Also es gibt auch welche Es gibt auch welche Die sind ohne diese Abzocke Aber das hier Dann mache ich das nicht Gut das wusste ich nicht Ich wusste das wirklich nicht Ich habe das vorher noch nicht gespielt Ich habe mich selber noch nicht gespoilert Ich wollte mich bei der Story ja nicht spoilern Weil ich dachte es wird großartig Es gibt aber auch welche ohne die Abzocke Ich such dann vielleicht mal eins raus Tja schade Tschüss So dann kann ich wieder rüber schalten Nur ganz kurz auf den hier Aber immerhin das hat funktioniert Das ist schon mal Warte mal Ich gehe mal wieder auf den Mixer Jetzt hier Ähm Das ist immerhin schon mal viel wert So Kann ich jetzt hier wieder auf den Zack Ich muss glaube ich wieder neu connecten dann Das mit dem Kabel Ist echt noch blöd Weil das hier zur rechten Seite raus geht Ich muss nochmal ganz kurz Hinter das iPad legen Das ist echt noch Die Kabellage ist noch ein Problem Weil du brauchst Wenn du am iPad spielen willst Über HDMI Signal und so Du musst natürlich das HDMI Signal Mal abcaptchern Dafür brauchst du so ein komisches Kleines Klumpending Was du dran packst An diesen Ja an den USB-C Und daran kommt ein HDMI Kabel Aber auch noch ein USB-C Kabel Um das iPad zu laden Währenddessen Weil sonst geht es ja irgendwann aus Deswegen das alles so ein bisschen Alles so ein bisschen klumpig Ja das ist ja blöd Das ist ja jetzt blöd Das wusste ich nicht Das finde ich jetzt Aber das ist der Grund Warum ich eigentlich keine Mobile Games spiele Weil die meisten Mobile Games Das sind Abzocke tatsächlich Was ich gerne mal spiele Ist Heyday Hab ich früher mal ganz gerne gespielt Inzwischen schon länger nicht mehr Schade Ich hätte gerne gewisst Ich hätte gerne gewisst Wie es mit Brianne weitergeht Brianne van Tart Hm Ne Wizards Unite ist schwierig Weil ich sitze gerade im Studio Und außerdem spiele ich kein Wizards Unite Ich bin von diesem Hype nicht betroffen Ich glaube der Hype ist doch schon wieder vorbei Oder Glaube ich Glaube ich Das Soundcloud über das Netzwerk am PC steuern Habe ich versucht Aber ich kriege über den Browser keinen Zugriff Auch nicht über die Auch nicht über diese 10er IP Ich komme doch einfach nur über das iPad drauf Ich weiß immer noch nicht genau warum So Ja gut Hat aber Spaß gemacht Schade Ich hätte natürlich gerne gewusst Wie es weitergeht Ähm Wo lese ich denn jetzt mal Hier oder da Jens Lannister Oh ja Das wäre auch ein guter Name gewesen Jens Lannister Hm Habs Gefühl Der letzte Grongstream ist Jahre her Der war aber letzte Woche Der war letzte Woche Ähm Da haben wir aber nur ein bisschen gequatscht Und jetzt natürlich die Frage Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht Was wir heute spielen Ich hab ein paar Sachen Die ich gerne wie gesagt Ausprobieren wollen würde Das hier war nur eine Sache Die ich ausprobieren wollte Mit dem iPad zum Beispiel Habe ich da noch irgendwas ausgelassen? Ne ne Super Nintendo Habe ich noch eingerichtet Aber das können wir irgendwann mal machen Ist momentan alles noch Äh So Die anderen Sachen habe ich alle Woanders reingelegt Ich teste mal eben Ob das noch funktioniert Oh nein Das wollte ich nicht Ah hau ab Entschuldigung Ah Oh das ist so laut Ich erschrecke mich jedes Mal Oh warum ist das so laut Es ist noch Soße da Ich dachte ich muss das ausschalten Aber es schaltet sich von selber aus Habe ich so programmiert Dass es sich selber ausschaltet Okay Ich wollte nur gucken Ob es noch funktioniert Weil ich habe hier StreamDickXXL Ich habe alle Knöpfe neu sortiert Und alles Ähm Und ich habe ja auch sowas gemacht Wie zum Beispiel Ja Wenn wir Äh Wo ist denn hier zum Beispiel Ich musste mich noch ein bisschen dran gewöhnen Wenn wir zum Beispiel Hier im Preview Bildschirm sind Oder so rum Oder so rum Oder so rum Ne Ähm Dass ich zum Beispiel einfach sagen kann Okay Wir gucken mal gerade Was macht denn die Pan gerade so Das habe ich vom E3 Stream übernommen Auch für Ne Wenn wir mal irgendwie Mit anderen streamen oder so Ähm Dass wir da mal reinschalten können So Natürlich nur mit Leuten Wo wir auch wissen Dass wir das dürfen Weil sonst verstößt es nämlich Gegen Twitch-Richtlinien Aber bei Tobi und Pan Da hat das zum Beispiel So Gut Das funktioniert sehr schön So Ähm Modded Minecraft Wäre doch was Schönes Ja 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 Ich habe schon gehört Der Tobi spielt gerade Minecraft Aber ich muss zugeben Er spielt hier auf dem Server Und er spielt aber irgendwie Vanilla Aber ich muss zugeben Vanilla triggert mich irgendwie Bei Minecraft nicht mehr Also es Es catcht mich nicht mehr Hm Aber ich hätte schon wieder Bock auf Äh Ja damals Life in the Woods Oder so ein bisschen After Humans Aber dann Wie gesagt Wir haben schon drüber geredet Nicht mehr Nicht mehr so Den Technikfokus Sondern mehr so ein bisschen Diesen Na und auch nicht mehr LPT Zwingen Sondern so ein bisschen Die Labersachen Wie wir das früher halt hatten Die sind ja dann Irgendwann weggegangen Und so in der Richtung Ja Deswegen ja auch meine Frage Ob es die Möglichkeit gibt Und die gibt es ja offenbar Auf dem Minecraft-Server Zum Beispiel So ein Voice-Mod Installieren Wo man sich näher kommt Und dann hört man sich Je näher man sich ist Desto mehr hört man sich Und wenn man wieder weiter weg geht Dann geht die Stimme auch wieder leiser Dass man nur miteinander Natschen kann Wenn man sich auch sieht Oder sich über den Weg läuft Sowas in der Richtung Das äh Sowas fände ich halt ganz geil Nja 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 Deine Brille ist schief Cool Danke Es ist nicht meine Brille Die schief ist Mein Gesicht ist schief Die Brille ist gerade Ein bisschen Progression Wäre schon ganz cool Ja kann man ja trotzdem machen Metro-Arms Vielen, vielen Dank für Ich weiß gar nicht Wie wir das jetzt waren Zehn Vielen Dank für zehn Subs Dankeschön für die Giftsabs Dankeschön Ja, ja, ja Also Progression Natürlich kann man immer machen Keine Frage Aber Und vielleicht auch ein bisschen Technik Aber halt nicht nur noch Technik Und nicht nur noch Und ne Das war alles so ein bisschen Ja So Die Brille ist nicht schief Wir schauen einfach schief Das geht natürlich auch Hängst du so auf halb acht In der Sitzschnecke zu Hause Gibt es Survival Games Die dich gerade interessieren Ich habe gestern geguckt Was Mist macht Aber da warte ich noch ein bisschen Ist er noch bärtiger geworden Ja, ich muss unbedingt zum Barbier Ich habe Mannschaft Ich habe es gerade überhaupt nicht installiert Ich habe es gerade überhaupt nicht installiert Ich wollte mir ein bisschen Dieses neue Path Tracing und so Wollte ich mir auch angucken Ähm Was da alles so neu rausgekommen ist An Shadern und sowas Von Zeus Aber ich habe da noch gar nichts installiert Momentan Subnautica müssen wir auch noch weitermachen Hmm Und Subnautica Subnautica Bei Subnautica können wir echt mal was testen auch Da könnten wir was testen Ich brauche noch irgendein Spiel Wo ich ein bisschen was testen kann Was hier unter anderem mit dieser neuen Beleuchtung zu tun hat Gerade Das wäre glaube ich Ganz cool Ähm Mähme 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 Ähm Boah Outer Wilds hat Spaß gemacht Outer Wilds war echt cool Aber Ich habe seit einem Ich habe seit einem Monat nichts mehr richtig gespielt Ich habe jetzt letzte Woche ein paar Spiele irgendwie angefangen und so ausprobiert, aber nicht so richtig. Ich habe seit ungefähr einem Monat nichts mehr gespielt. Richtig. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich machen will. Hm. Hm. Factory Town hat der Funk ja gespielt. Ich habe aber, ich habe was anderes gefunden, ein Indie-Game, was noch nicht auf Steam ist, aber da kann man jetzt schon die Alpha-Version vorab kaufen, auf itch.io. Das habe ich auch getan. Das würde ich gerne spielen. Sims 4 würde ich gerne spielen, aber das mache ich nicht heute. Das würde ich gerne, ich habe immer noch ein Stream. Ich schulde euch immer noch ein Stream. Habe ich letzten Freitag ja gesagt, ich wollte ihn eigentlich die Woche machen, aber weil die Nase immer dicht war und weil ich immer gehoozet habe und weil gewisse andere Dinge nicht unbedingt für die nötige Heiterkeit gesorgt haben, hatten wir hier über dem Haus eigentlich eine schwarze Wolke die Woche über. Das hat sich jetzt eigentlich eher so seit gestern, seit vorgestern ein bisschen, seit gestern so ein bisschen gelichtet. Ich glaube, man hat es gemerkt auf Twitter und ähm, ich glaube Sims 4 würde ich gerne noch machen, ähm, aber nicht unbedingt heute. Ich muss Sims 4 glaube ich das DLC muss ich auch installieren. Ich wollte das Urlaubs-DLC ja spielen. Und dann wollte ich auch noch, oh Gott, ich wollte heute auch noch ein paar Sachen machen. Es gibt noch eine Box, die wir unboxen müssen. Oh ja, die gibt es. Ich hoffe, das kriege ich heute alles unter. Aber es ist ja erst halb fünf. Wir haben ja früher angefangen, cool. So, ähm, und, äh, nö, 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 du siehst so gestresst aus? Ne, ich sehe immer so aus. Glaub ich. Aber ich kann sagen, so, wir kamen aus dem Urlaub und ich könnte jetzt schon wieder zurück. So, das ist, äh, ja. Aber es ist egal. Ist egal. Wir kriegen das schon hin. Ähm, li, 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 li. Hm, 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 hm. So, und Van Kamlo, auch dir das schon mit den Giftsabs. Dankeschön, viel Dank. Ähm, also wir haben ein Paket bekommen, ja. Wir haben ein Paket bekommen, dass wir heute ein Paket unboxen. Falls, falls sich noch jemand erinnert, kennt jemand diese legendären Stereo-Boxen? Kennt die jemand? Noch, zufälligerweise. Wir haben da mal ein Paket unboxed und es war ein 8-Stunden-Stream, wo wir Fallout als Pen & Paper gespielt haben. Aus diesem Paket raus. Und wir haben, ach, guck mal, der Stereo ist ja auch da und schreibt, ich kenn die, Kappa. Der Stereo hat uns wieder ein Paket geschickt und zwar diesmal, soweit ich weiß, in Zusammenarbeit mit Deadly. Und ich hab noch keine Ahnung, was drin ist. Ich hab es noch nicht angerührt. Ich habe es noch nicht angerührt. Und das müssen wir heute auch noch irgendwie unboxen. Ich weiß aber noch nicht genau, in welche Reihenfolge ich das mache. Ich würde jetzt vielleicht erstmal irgendwas spielen. Vielleicht ja noch dieses Itch.io-Spiel ausprobieren. Ähm, und nachher machen wir eine Runde Unboxing und was immer darin ist. Es könnte ein bisschen dauern, aber es werden keine 8 Stunden, das weiß ich schon, wie damals bei Fallout. Was mich ein bisschen beruhigt. Ich finde es auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite beruhige ich es mich ein bisschen. So, das heißt, wir können danach wieder was spielen. Ne, das war das so ein bisschen Ding, 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 Ding. Und was ich noch machen wollte, das mache ich dann vielleicht im Sim-Stream, ich wollte noch ein, ich wollte noch ein Japan-Haul machen. Mit Sachen, die wir geholt haben. Ähm, und ungefähr 90% davon sind Secondhand-Sachen. Ja, 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 ja. So, huch. Man hört, das trinken jetzt auch, ne, ist komisch. So. Hast du ein Japan-Vlog gedreht? Ne, ich habe in Japan diesmal wirklich Urlaub gemacht. Ich habe drei Wochen versucht, mich von Social Media fernzuhalten. Ähm, das war schwierig, aber erfrischend. Und, ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen und habe nochmal eine Woche Social Media-Absilienz drangehangen. Ähm. So. Ne, ich habe auch nichts gefilmt in Japan. Also, ich habe ein paar Privatfotos gemacht, ein paar Privatvideos, aber fast gar nichts. Ich habe wirklich versucht, im Urlaub das Handy stecken zu lassen. Einfach das Handy stecken lassen beim Urlaub. Geht es Pan gut mit der Achillessehnenentzündung? Ja, außer, dass der Fuß, die hat jetzt irgendwie so eine Bandage, ne, also die Pan hat Achillessehne entzündet bei ihr. Also am Fuß hinten. Und jetzt hat sie so eine Bandage bekommen, also man dann irgendwie zum Dingenszentrum da gefahren, zu so einem orthopädischen Zentrum irgendwie. Und, ähm, jetzt hat sie das Ding dran, aber seitdem sie das Ding dran hat, ich weiß nicht, der Fuß wird irgendwie größer. Also, also der, ich vermute mal, ich weiß nicht genau, ob es ein Blutstau ist durch diese, durch diese Bandage oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nicht so gut. So. Wieso benutzt du jetzt so ein Mikrofon? Ähm, kann ich dir sagen, damit ich nicht immer hier so reinrede, so, oder dann immer so rede, ähm, sondern damit ich mich auch hier mal hinbewegen kann, damit ich mich hier hinbewegen kann. Dieses Mikrofon ist beim Streamen einfach Freiheit. Das ist wirklich Freiheit. Für Let's Play ist nämlich immer noch das Ding da. Und Einhorn-Pupsi, ich lese auch deine Kommis. Du musst nicht Caps Lock schreiben. Alles gut. Danke dir. Achillopan. In deinem Alter ist Ruhe auch wichtig. Boah, du Arschloch. Wie umgehst du den 12-Stunden-Upload-Filter bei YouTube? Ich habe dir auf Twitter geantwortet. Du hast mich vorhin auf Twitter gefragt, ich habe dir da geantwortet. Ich mache nichts Besonderes. Ich lade das nur auf den Server, auf den File-Server und lade dann von da aus hoch. Ja, die Vlogs auf YouTube, diese Freitags-Vlogs, oder was das war? War das Freitags oder Samstags? Natürlich wieder komplett übernommen. Ja, ja, ja. Alles wie immer. So. In deinen 1920er-Jugendjahren war alles anders. Ach, ich weiß noch, wie ich damals, wie ich damals mit God Scrabble gespielt habe. Ach, das waren Zeiten. Kurz vor der Erschaffung des Universums. Da war ich noch ein bisschen jünger. Nicht wesentlich, aber ein bisschen. So. Kann dieser Mann die Brille gerichtet? Lass meine Brille doch mal in Ruhe. Mann, ich weiß gar nicht. Die ist halt schief, weil, guck mal. Hier. So sieht die inzwischen aus. Die ist immer noch nicht. Äh, ich muss da immer noch. Aber ich hole mir eine neue. Ich weiß nicht, wie rum die gerade ist. So. Ich hole mal eine neue. Das wird dann so eine. Weißt du, eine riesige. Oder es wird, ähm, weißt du, welche Brille nicht schief ist? Ja? So. Die Brille ist nicht schief. So. Such's dir halt aus. So. Gut. Ich glaube, ich glaube, das ist wohl die bekannte Biegebrille. Ja, ich glaube auch. Ha. Oder Jürgen fehlt mir zum Beispiel auch. Ich wollte Jürgen ja wieder, ne, und so. Da wollte ich ja wieder. Was? Wie viele Prüfungen, äh, von sechs? Oh. Du bist das Richtige für danach. Oh, hallo. Warte, ist das ein Kompliment überhaupt? Doch, ich glaube schon. Hey. Bauf wie ein Monokel. Ah. Hm, hm. Neue Brille, aber nur mit Blitzschutz. Das war so schön, Alter. Das war so schön. Ich habe gestern so gelacht. Der arme Tobi. Und dann schreibt ihm noch die Nachricht. Ist das dein fucking Ernst, Alter? Ach, schön. Ja, 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 ja. So, Erkältung ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden tatsächlich. Also ein bisschen Husten ist noch da, ein bisschen Schnuppi ist noch da. Vielleicht werde ich mich nachher immer ab und zu mal rausklinken und die Nase schnäuben. Das kann passieren. Aber letzte Woche war wesentlich schlimmer. Da war die Nase ja richtig zu und heute ein bisschen angepopelt. Das war's. Das geht. Wie viele Dioptrien hast du? Keine Ahnung. Merke ich mir nicht. Hm, hm, hm. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Wie wäre es mal wieder mit dem Horrorgame? Ja, würde ich gerne auf dem Channel mal wieder eins machen. Nicht unbedingt im Stream, weil es ist immer noch was, ist immer noch so ein bisschen Unterschied, ne, wenn man mit anderen Leuten, ich weiß, ihr seid ja irgendwo da draußen, oder wenn man wirklich ganz alleine ist. Das Gefühl ist immer noch ein anderes. Hm, hm. Hm. Wie ist das so eine Opa-Nerd-Brille? Meinst du diese hier? Weil ich die auf dem Flohmarkt, guck mal, die, Alter, die hab ich auf dem Flohmarkt gesehen und ich musste mir die einfach holen. Komm an, sieht man die Augen da? Nee, die ist einfach, die hat einfach, ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich drei Millionen Dioptrien. Wenn ich die aus Versehen mit in die Sonne nehme, dann brennt hier die ganze Nachbarschaft. Da kommen einfach direkt Laserstrahlen raus. Storys Untold haben wir doch durch. Das haben wir doch durch. Days Gone. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will, ehrlich gesagt. Ich hab's mal ausgelassen. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Also ich wollte schon, aber irgendwie ist dann doch an mir vorbeigegangen. Hm. Hm. Subnautica können wir vielleicht nachher mal ein bisschen. Aber ich muss, ich muss einen Subnautica, muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Ich weiß von Subnautica wieder fast gar nichts mehr. Das ist so lange her schon wieder. Was auch wieder ärgerlich ist. Bitte keine Endlosspiele mehr. Nee, keine Endlosspiele. Also ich versuche keine Endlosspiele. Und wenn, wenn ich wieder Endlosspiele mache, hab ich mir überlegt, ich mach das dann wirklich mehr. Sky, du Schuft. Ja, jetzt chill mal die Nuggets. Ich hab's für dieses Jahr versprochen. Ja, bin gerade erst wieder da. Diese Vorbereitung hier, dient unter anderem auch unter anderem der Vorbereitung für Skyrim. Also das mit dem, mit dem Audio-Kram hier und so, was ich jetzt auf Twitter gezeigt hab und so. Hier steht jetzt der Turm von Audio. Ähm. Skyrim ist ein Endlosspiel. Ja, aber Skyrim läuft auch auf dem RPG-Channel. Das gilt dann nicht. Das ist okay. Vielleicht mach ich die ersten Folgen auf dem Haupt-Channel und schalte dann, äh, auf den RPG-Channel rüber. Hm. 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 Nächsten Monat kommt Man of Medan raus. Ja, und es ist ein Multiplayer. Hm. Hm. Was war das für ein Indie-Spiel, von dem du vorhin geredet hast? Factory irgendwas. Äh, Factory Town, was der Funk angespielt hat. Und ich bin, ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich habe dem Funk dabei zugeschaut. Ja, das macht mich eh immer neidisch wegen seiner Mobs-Challenge, klar. Aber ich bin einfach enttäuscht. Ich habe zugeschaut ne ganze Weile und er hat bei Factory Town kein Bus gegen Bus gebaut. Zuschauer waren empört. Empört waren die Zuschauer. Das war, das war ne bittere Erfahrung, muss ich sagen. Schade. Und dann aber, dann aber diese komische, so ein Transportweg über den Fluss im Kreis und über den Fluss wieder zurück. Davon, da muss ich, da gehe ich aber in Deckung. Das hat mich schockiert einfach. So, Green Hell können wir auch mal wieder machen. Irgendwann, so ein paar Folgen. Aber ich will auf jeden Fall, der Assi hat mir die ganzen Stream versaut. Aber ich, was soll ich sagen? Aber wie gesagt, ich möchte, ich möchte keine Endlos-Projekte mehr machen. Ich würde eher gucken bei Endlos-Projekten, dass man, dass man da vielleicht sagt, Staffel so und so und dann macht man erstmal ne kleine Pause, und macht das vielleicht erstmal was anderes, weil sonst es lief halt gefühlt immer noch dasselbe auf dem Channel. Also auf dem Gronkh-Channel auf YouTube. Lief gefühlt immer nur dasselbe. Ja, ja, ja. Ego kommt bestimmt auch mal wieder, aber dauert noch ein bisschen. Zeig mal dein Shirt. Flixbus-Simulator. Ich würde gerne den Bus-Simulator einfach mal ernsthaft spielen. Also mit... Ihr wisst, ernsthaft. Da kann man doch bestimmt auch Roleplay machen, oder? Ja, dann ist das halt... Ist doch besser als GTA. Aber ich sehe komischerweise keine Bus-Simulator-RPG-Server auf Twitch. Was ist da los? Denk mal drüber nach. Also mit richtigem Bus. Den kann man auch mit Lenkrad spielen. Ich habe noch nie was mit Lenkrad am PC gespielt. Ich hatte mir das Lenkrad geholt, hatte mir die Tati gleich weggeschnappt. Ich weiß gar nicht, wo die das aktuell hingepackt hat. Muss gleich mal gucken. Also nicht gleich, da gucke ich mal die Tage irgendwie. Aber da werde ich... Bus-gegen-Bus-Simulator. Da werde ich bestimmt überall gegen fahren erst mal. Und dann wird in den Kommentaren wieder stehen überall. Ja, wenn er so im richtigen Leben fährt. Das wird kommen. Gibt es bald neue Grim Dawn-Folgen? Na, Grim Dawn haben wir erst mal durch, oder? Hatte ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, eine Quest habe ich irgendwo vergessen. Irgendwas habe ich... Das habe ich hinterher noch dran gedacht, aber da war leider keine Zeit mehr. Aber ich glaube, wir sind soweit eigentlich durch. Sonst. Hm. Hm, hm, hm. Lest du absolut jeden Kommentar? Naja, ich lese nicht intensiv. Ich überfliege meistens. Und das, wo ich denke... Hm. Das könnte ich vorlesen. Das lese ich dann vor. Zum Beispiel hier. Gasauftritt bei Piez, bei den F1. Ähm. Ganz ehrlich, bei den Rennsimulatoren, ich glaube nicht, dass ich so gut bin, da mit irgendwem zu konkurrieren. Ich glaube, ich bin da echt nicht gut. Ich werde bestimmt auch ein beschissener Busfahrer. Oder hier, Eurotruck-Simulator. Würde ich auch wahnsinnig gerne mal machen. Guck ich bei Tobi manchmal einfach gerne zu. Und dann bricht er die Fahrt, die ich sehen will, bricht er immer ab, so. Ja, jetzt würde ich gerne... Hallo, ich bin wieder euer Tobi und ich habe jetzt hier mein neuer Kabuff und heute fahren wir mal von Hamburg nach Italien. Ach nee, das mache ich dann nächstes Mal. Tschüss! Jedes Mal. So, jedes Mal. Immer, wenn ich bei Tobi ne interessante Strecke und dann, oh schön, jetzt fährt er von Norden Deutschlands bis runter nach Italien. Das gucke ich mir gerne an. Ja, ich bin jetzt raus. Da, Mickey Maus. Tschüss. Im Chat liest du jeden Einzelnen, oder? Nicht, wenn ich einfach in die Kamera gucke. Wenn ich jetzt hier in die Kamera gucke, kann ich nicht gleichzeitig den Chat lesen. Sonst müsste ich ein Auge da irgendwie... Und das sieht komisch aus. Und irgendwann bleibt das so, hat meine Mutti gesagt. So, hat Tobi Kürmit gefressen? Ich freue mich beim Tobi so über den neuen Raum. Ich habe auch... Wir haben ja gestern auch ein bisschen zugeguckt, hier beim Verschrauben und so. Als Twitter down war, was willst du machen, guckt es natürlich Tobi. Und ich freue mich voll über den neuen Raum. Das macht einfach so viel Spaß. Die Kamera ist noch nicht so optimal, ja, im Spiel. Wenn bei Witcher irgendwie so viel Raum ist und so ein Tobi in der Mitte, da muss man noch ein bisschen ranzoomen und so was. Aber ich... Darum geht es ja gar nicht, sondern einfach nur darum, dass der Tobi aus seinem Kabuff raus ist. Weißt du, immer mit dem Glanzgesicht, wo immer so ein Quadratmeter und jetzt einfach in seinem Raum... Ich finde das gut. Auch wenn er jetzt im Keller sitzt, aber wenigstens ein richtiges Fenster. Hast du noch nicht auch Zeit, Serien zu schauen? Ja, wir haben gestern endlich Stranger Things, die dritte Staffel, zu Ende geschaut. Ich möchte nichts dazu sagen, denn ich möchte niemanden spoilern. Aber die dritte Staffel ist echt wieder verdammt gut. Die ist verdammt gut geworden. War leider zu kurz. Ja, aber naja, ja. Die Post-Credit-Szene. Ja, bei der hätte ich mir aber gewünscht, dass sie die gelassen hätten. Bei der hätte ich mir gewünscht, dass sie die nicht gemacht hätten. Aus Gründen. Ich verrate nicht, warum. Bitte verrate die auch nicht, warum. Bitte nicht spoilern. Aber ich wünsche, die hätten diese Szene nach den Credits nicht gemacht. Hm. Aus Gründen. So. So, so, so. Du siehst mit der anderen Brille aus wie Alexei. Oh, den mochte ich. Oh, den mochte ich so gerne. Ach. Mhm. So. Wann fängst du denn mit Skyrim an? Ähm. Also. Ich traue mich schon fast gar nicht mehr, darüber zu reden. Aber laut Case King sollen die Rechner jetzt im Juli ähm, fertig sein. Es wurde noch auf eine bestimmte Karte gewartet, auf eine bestimmte Capture-Karte. Ähm. Die ist inzwischen, ich weiß noch nicht genau, weil nach dem Urlaub hatte ich jetzt noch keine Zeit und noch keinen Kontakt. Ähm. Aber es sollte im Juli fertig sein. Also. Lasse ich mich überraschen. So. Und sobald hier alles angeschlossen ist, wenn die neuen Rechner da sind und alles angeschlossen ist und so weiter, würde ich, ähm, ja, wie gesagt, das würde ich dann gerne hier über das Mischboot laufen lassen. Aber einige Sachen weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Ähm. Mit der Soundverkabelung, das ist mir noch ein bisschen kryptisch. Aber das kriege ich schon irgendwie hin und sobald hier alles steht, würde ich dann gerne auch, äh, endlich mal Skyrim aufnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe echt Angst davor. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich glaube, das wird eine Lebensaufgabe. Nein. Kingdom Come würde ich wenn, dann hinterher machen. Parallel schaffe ich es, glaube ich, nicht, weil Kingdom Come ja auch ziemlich lang ist. Ähm. Und generell, während ich Skyrim spiele, kommen wahrscheinlich noch 100 andere RPGs raus. Das wird ein bisschen schwierig, aber naja. Warum spielst du nicht das Stranger Things Retro Game, wenn dir die Serie so gefällt? Weil ich die Woche nichts aufgenommen habe. Ich habe seit einem Monat nichts mehr aufgenommen. Also seit der Vorproduktion nichts mehr aufgenommen. Ich wollte eigentlich nach dem Urlaub direkt wieder loslegen, aber dann kamen die Dinge anders, als man dachte. Und die Woche war, sage ich mal, ja, nicht so viel Motivation wie nötig da, um da was zu machen. Weil niemand möchte gerne ein Let's Play sehen oder sonst irgendwas, wo man dann immer sitzt so. Das möchte keiner sehen. Es gibt noch ein paar andere Spiele, die rausgekommen sind, die würde ich gerne machen. Sea of Solitude würde ich unbedingt, das würde ich unbedingt aufnehmen. Ich hatte überlegt, das im Stream zu spielen, aber weil das Thema sehr privat ist, auch, würde ich es dann doch lieber gerne als Let's Play machen. Deine Meinung zum fetten Tor, das ist so lächerlich einfach, als ob der fett ist. Ganz ehrlich, wenn das fett ist, dann wäre ich gerne fett. Die ganzen Leute, die sich darüber, ne, da gab es jetzt irgendwie, weil, war das nicht, war das, nee, war das, nee, das war nicht Tor, das war nicht Tor, das war, ach nee, das war was anderes. Hier, wie heißt das Schauspieler von Aquaman nochmal? Da haben sie ihn jetzt irgendwie fotografiert und sagen alle, der ist jetzt fett und bla bla bla. Alter, die ganzen Leute, die das schreiben, die haben wahrscheinlich so einen Hühnerhakenbody, weißt du? Und er halt so, genau, der Jason Momoa, Alter, und er natürlich immer noch voll die Kante, sieht jetzt aber einfach ein bisschen normaler aus, weil er nicht ganz so durchtrainiert ist wie ein Aquaman oder sonst irgendwas, aber immer noch voll die Kante, weißt du? Voll das Bein einfach und die ganzen Kinder sitzen da mit zwölf, ja, ja, voll den Papikörper, weißt du? Und sitzen da einfach, die Arme einfach so Spaghetti-Arme und können gerade mal die Tasten tippen auf ihrem Handy, die digitalen, schaffen sie gerade mit Kraftaufwand, weißt du? Aber dann da, es ist alles so lächerlich. So, wenn, ganz ehrlich, wenn ich so einen Körper hätte, ich würde hier jeden Stream nackt machen. Also, oben ohne. So, wollte ich nochmal kurz sagen. Ich verstehe die Menschen generell immer weniger. Ich weiß nicht, was da los ist. Geht euch wahrscheinlich genauso. Es wird gefühlt immer schlimmer da draußen. Und ich glaube, und deswegen sage ich das schon seit Monaten, seit Jahren schon, Social Media war keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass Social Media zur Verrohung der Gesellschaft beiträgt. und das fing mit Facebook, fing es mit Facebook an? Ich glaube, ja, MySpace ging noch, Und so was. Oder StudiVZ. Das ging alles noch, ne? Aber mit Facebook, ich glaube, ja. Ja. So, du wirst alt, deswegen verstehst du die Menschen nicht mehr. Ja, weil mit dem Alter kommt die Weisheit. Das meinst du bestimmt. Ja, danke. Du hast, da hast du natürlich recht. Das stimmt. Ja, aber nee, generell glaube ich schon, dass das, ähm, dass die sozialen Medien ein bisschen mit dieser sozialen Verrohung auch, ja. Ja, der alte Mann lästert wieder über das Internet. Das Internet an sich ist eine großartige Idee. Ich liebe das Internet. Das Internet ist super. Gibt nichts Schlechtes. Es gibt viel, es generell, am generellen Grundgedanken, das Internet ist nichts Schlechtes. Wie machst du das, die Emojis durch das Bild fliegen? Stream Lapse? Ich glaube, bei Stream Lapse kann man das einstellen. Ich habe das immer so, wenn Leute zum Beispiel, wenn jetzt alle Kappa posten, wenn jetzt alle ein Kappa-Emote posten, und das machen genug Leute auf einmal, dann wird das getriggert. Ne, sozusagen, um das so ein bisschen, dass Leute hier so ein bisschen mitbestimmen können, quasi, dass sie mal ein bisschen, na, reicht das schon? Reicht das schon? Ja, es reicht schon, siehste? Wenn genug Leute, wenn genug Leute hier immer dieselben Emotes posten, dann fängt das ein, vor allen Dingen dieses, das Kappa-Emote hier, wirklich richtig hochauflösend. Richtig, richtig 4K-Edition ist das hier einfach. Ja, nun, wir brauchen Alternativen. Was wir auch brauchen, sind mehr, ich finde, wir brauchen generell mehr Emotes, aber ich hätte gerne auch ein paar bunte Emotes irgendwie. Ich hätte gerne bunte Emotes. Finde ich irgendwie schön, weil das passt auch ein bisschen inzwischen hier zu diesem Stream. Der ist sehr bunt geworden und ich mag das sehr gerne. Finde ich toll. So. Danni, oh, Danni, vielen Dank. Hallöle, Hallöle zurück. von Deiner Jens. Ham. Dieses Jahr kommt noch The Beast Inside raus? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da gerade nicht so auf dem Laufenden. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. So. Das ist ein Retro-Bunt für austetisch. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich mag das voll gerne. Und tatsächlich, ich muss es zugeben, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es jetzt am Stream liegt. Hier ist ja auch langsam jetzt wieder alles bunter geworden. Die letzten Jahre oder eigentlich schon immer. Diese zehn Jahre, die ich bis jetzt auf YouTube war und so. Ich habe ja sonst immer eher schwarz getragen. Immer eher schwarz, vielleicht mal weiß. Das war es. Aber irgendwie mir ist aufgefallen, gerade dieses Jahr in Japan ist mir aufgefallen, dass ich mir inzwischen eher bunte Sachen hole. Dieses Ding ist so eins davon. Aber auch bunte Schuhe, bunte Shirts. Es ist schwierig, als Mann bunte Sachen zu kriegen. Da gibt es dann immer so rot, was auch schon ganz cool ist. Oder gelb oder irgendwas, eine Farbe. Aber so bunt ist schwierig. Ist schwierig. So. Umstandsmode. Weißt du, Funk? Du kannst doch einfach mal die Fresse halten. Schön, dass du da bist, Funk. Toll. Toll. Kommt hier rein. Das Erste, was ich lese, weißt du? Toll. Richtiger Freund, der Funk. Richtiger Freund. Da hat sich jetzt ein Muskel gebildet auf dem Arm, weißt du? Hat er mal drei Kniebeugen gemacht und denkt, oh, er ist Herkules. Boah, ich freue mich schon so wieder auf Satisfactory. Oh, das wird so schön. Das wird so schön. Heute ist Fashion Friday, aber wirklich. Bald sitze ich hier einfach mit so Hawaii-Hemden, weißt du, wie Jürgen von der Lippe. Also so einfach nur, um den fetten Ranzen zu verbergen, einfach so 3XL-Hawaii-Hemden. Ha. Schön. Hm. So, Silverdorf. Silverdorf, vielen Dank für 5 Giftsabs. Dankeschön. Du hast dich doch vorhin über seine effektiv genutzte Brücke lustig gemacht. Nein. Das würde ich niemals tun. Die Brücke war toll. Und niemand hätte sich über einen Bus-gegen-Bus-System bei Factory Town gefreut. Niemand. Aber gut. Ha. Dein Nippelshirt ist sowieso unschlagbar. Ich habe noch so ein Nacktshirt. Also so ein Shirt, wo dann so quasi eine haarige, wo alles so eine haarige Brust drauf gedruckt ist. So ein Ding habe ich auch. Aber da schwitzt man wie Sau. Kann ich im Stream nicht anziehen, weil erstens wird der Channel gepurcht. Und zweitens schwitzt man da wie Sau. Ja. Findest du auch das Chief Hopper aus Stranger Things ein bisschen so aus wie du? Das Lustige ist, der Schauspieler von Stranger Things, also der Chief Hopper, wir sehen uns tatsächlich ähnlich, auch wenn er einen Schnäuze hat wegen der Rolle, aber wir sehen uns tatsächlich ähnlich. Seine Haare grauen hier auch am Bart, wie bei mir. Wir sind beide am 10.04. geboren. Wir sind beide 1,90m groß. Und ich habe einen Muttermal am Rücken da, wo er einen Muttermal hat. Und ich habe extra nochmal zurückgespult und habe die Paaren so, äh, guck mal, Muttermal. Und sie so, äh? Ja. Das sind erstaunliche Parallelen. Das sind sehr viele Parallelen tatsächlich. Ja. Upside down! Einer von uns ist, glaube ich, der Böse. Einer von uns. Und ich hoffe, ich bin es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn hier irgendwann mal diese schwarzen Adern raustreten und so, dann sag bitte Bescheid. In einem Video hat er original deinen Bart. Ja, ich sage ja, der hat ja, also momentan hat er auch Vollbart oder auf dem Foto kenne ich das. Und da sind die Haare hier grau. Und bei mir werden die auch hier vom Bart, werden die hier grau. Nur hier so gestrehnt. Der Rest nicht. Ja. Also, gut. In Hellboy sah er auch ganz anders aus. Komisch. Die bunten T-Shirts sollen vom Bösen ablenken. Ach, schön. So, ähm. Was? Habe ich was verpasst? Warum ist du denn am Stream die Panels so leer? Weil ich die Panels immer wieder angefangen habe und ich war nie zufrieden. Ich habe die bestimmt dreimal angefangen in all den Jahren, die sie jetzt weg sind. Sind die zwei Jahre weg schon? Ich weiß es gar nicht. Und ich war nie zufrieden, aber ich müsste die Paneele mal hinmachen. Ja, ja. Wie kriegst du in Japan draußen ein Internet? Ähm, du kannst dir, du kannst dir WLAN organisieren. Es gibt, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, verdammt. Ähm, musst du auf Twitter nochmal fragen, wenn ich gerade nicht streame. Ähm, ich habe vorher schon, bevor wir losgeflogen sind, habe ich online so ein Ding bestellt, so ein WLAN-Gerät. Das kannst du dir auch direkt ans Hotel liefern lassen, wenn du eincheckst. Das hat auch wunderbar geklappt. Äh, Pocket-Wi-Fi, genau, so ein Pocket-Wi-Fi. Und dann hast du quasi, musst du immer nur aufladen, hast aber die Zeit über, über das Internet. Hast nur eine komplette Flat. Und dann zahlst du einmal dafür. Das klappt echt ganz gut. Und am Ende, äh, wenn du durch bist, kriegst auch so einen Umschlag dazu, so einen Rücksendeumschlag. Packst du einfach rein und sagst dir beim Hotel, beim Auschecken, ob die das vielleicht noch in die Post bringen können. für dich. Und das machen die eigentlich immer. Das heißt, du musst eigentlich, es ist so wenig Aufwand. Pocket-Wi-Fi. So, gibt es einen Shop nicht mehr, weil ich sehe ja keinen Link. Ich mache echt super Werbung. Äh, doch, den Shop gibt es noch unter http.gronk.shop. Da hat sich schon lange nichts mehr getan. Könnte sich aber in Oh, in sehr naheliegender Zukunft könnte sich das ändern. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen Hilfe brauchen, um etwas zu testen. Wobei ich mir da lausig vorkomme, weil, äh, es, ja, ich, später. Später. So. Würde es mal kurze Hosen im Shop geben. Puh, weiß ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber es kommen noch ein paar Dinge. Aber erst mal, wie gesagt, ein bisschen Zeit brauchen wir noch. Kleines bisschen Zeit. Batik-Merch. Ja, ich habe da mal ein paar Schürz Handgebatikt. Ich will BHs. Ja, die will ich auch. Ja, ne, ne, ne. Hm, heißt das, das Ding funktioniert wie eine Bridge, Mobilfunk ins Internet und ein interner WLAN-Accesspoint. Ja, genau. Genau so. Schürz aus Barthaaren. Äh, boah, das muss aber kratzig sein. Gut, Badewasser können wir auch machen. Aber den Werbeclip hatten wir schon letzte Woche im Stream. Ja, wie gesagt, manchmal im Badewasser sind auch ein paar Sachen. Ein paar Härchen zu finden. Oder einer bekommt den Bauchnabelfussel. Den hat nur einer. Das ist Limited Edition. Bei jedem Badevorgang gibt es nur einmal Bauchnabelfussel. Der kann von winzig bis Riesenklumpen variieren. Türstopper quasi. Und der ist natürlich dann, der hat natürlich auch Sammlerwert. Das heißt, der ist in mehreren Jahren mehr wert, weil er automatisch größer wird mit der Zeit. Auch ein bisschen wie bei Stranger Things. Und wenn man mehrere hat, kann man die natürlich auch zusammen. Und dann kann man Sachen draus machen. So ein Schloss bauen und sowas. Das ist dann, ja. Gut. Habt ihr ja nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es wahr sein soll. Ich glaube, der Tobi hat mir das erzählt. War das der Tobi? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendjemand hat mir erzählt, alle Leute, die bei dieser Dame, bei dieser, wie heißt sie, Dolphin, Delfin, keine Ahnung, die bei ihr Badewasser gekauft und getrunken haben. Wer macht denn sowas? Die haben tatsächlich Beninator. Vielen, vielen Dank. Und ja, Visage kenne ich. Ich weiß aber noch nicht. Ich weiß noch nicht. Vielleicht. Es gibt Leute, das ist Fake. Okay, das war ein Fake. Alles klar. Das sind alles Fakes. Alles klar, gut. Dann sage ich nichts. Dann sage ich nichts. Dann will ich nichts sagen. Es war trotzdem lustig. Weil, ich habe nämlich gedacht, wenn man das davon bekommt, die hat ja nicht mit dem Gesicht darin geschwommen, weißt du. Aber gut, waren Fakes. Okay. Dann will ich das jetzt nicht. Erzähl schon. Es gibt diese Fake-Gerüchte. Sie sind nicht wahr, dass Leute, die das Badewasser getrunken haben, alle Herbst bekommen haben. Es ist wohl aber nicht wahr. So. Es ist nicht wahr. Oh, schade. Also, schade. Ich trinke es täglich. Es hält mich jung. Also, was wirklich Badewasser ist, glaube ich, auch keine Sekunde. Das glaube ich nicht. Obwohl, vielleicht, vielleicht ja doch. Ich kann mir sogar forschen, es ist wirklich Badewasser. Aber halt einfach kurz drin gebadet, damit da vielleicht irgendwie so ein paar Hautpapierungen, Artikel oder sonst irgendwas drin ist. Fertig. Ist jetzt nicht so der Mega-Aufriss. Und ich bin ganz ehrlich, das ist alles nur Nachmache von, wie heißt die denn nochmal, diese Sekte. Da gab es doch diese Sekte, wo Uriella mit so einem fetten Kochlöffel durch eine volle Badewanne gerührt hat. Und das war dann das heilige Wasser. Und Leute haben dann, dieses Wasser, ist ja im Grunde genommen auch Badewannenwasser, haben das dann gekauft. Fiat Lux. Genau, die Fiat Lux-Sekte. Die haben da nämlich eigentlich ein Copyright drauf. Die haben das erfunden. Da hat die Alte mit dem Kochlöffel durch die Badewanne gekärchert. Und dann haben die Leute das alle gekauft. Für, ich glaube, noch teurer. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch teurer war. Aber auf jeden Fall Menschen. Menschen. Es gibt so viele von diesen Menschen. Da ist alles dabei. Da ist alles dabei. Oh, die Uriella ist dieses Jahr gestorben. Ich bin ganz ehrlich, kann ich nicht trauern. Da kann ich überhaupt nicht trauern. Lass die Sniper in Borderlands weg. Nein. Ich spiele gerne mit Sniper. Fertig. Und ich habe gehört, Leute, die Borderlands ohne Sniper spielen, sind eigentlich echt dumm. Habe ich gehört. Ich kann es selber nicht beurteilen, weil es ist mein erstes Mal Borderlands und ich spiele gerne mit Sniper. So. Snipern for the win. Ich benutze die Sniper in Borderlands auch super gerne. Da steht es. Snipern ist so geil. Sniper, beste Waffe. Siehste. So, kann ich bestätigen. Snipern ist das Beste. Sniper in Borderlands sind nice. Ohne Sniper soll man Herpes bekommen. Das muss wahr sein. Sniper ist super nice, aber zero bessere Fähigkeiten für Sniper. Das mag sein, ist mir aber Wurst. Und wie gesagt, die Entwickler haben selber gesagt, egal wen man nimmt, man kann mit jedem Charakter alles spielen. Da gibt es keine Einschränkungen. Was ich aber lernen muss, ist dieses Gunsirken. Das muss ich wirklich lernen. Das weiß ich aber selber. Ich spiele auch das erste Mal Borderlands, benutze auch nur Sniper. Dankeschön. Endlich. Aber Gunsirken würde ich halt wirklich auch gerne effektiv nutzen. Nicht aus Versehen auf F drücken, wie mir das dauernd passiert. Und das nervt mich dann immer, weil ich will das gar nicht. Ich komme aber auf die F-Taste, weil ich habe irgendwas gespielt, wo F benutzen war, parallel, und dann habe ich immer auf F gedrückt, was, ja, passiert. Sniper macht in jedem Game Spaß. Ja, eben. Ich Sniper einfach unheimlich gerne in Spielen. Den Diddle-Dee. Was ist das Gunsirken? Gunsirken ist, wenn du in Borderlands quasi als Special Eigenschaft vom Gunsirker mit den ersten beiden Waffen, quasi mit linker, rechter Maustaste, und das wusste ich nicht, quasi mit zwei Waffen, weißt du schon. Dual-Wield. F-Taste war Seven Days. Ah, vielleicht deswegen. Vielleicht lag es in Seven Days, ich weiß es im Nachhinein nicht mehr. Aber ich habe wegen irgendwas immer F gedrückt. Hast du Dark auf Netflix geschaut? Ehrlich gesagt, ich habe es, ich habe es nicht ganz durchgeguckt. Ich habe irgendwann, habe ich, habe mich nicht gepackt. Schön inszeniert, aber irgendwie so, na. Hä, was ist denn das hier? Hä? Wie ist das? Da stand bestimmt gerade haariger Arsch auf Japanisch oder so. So. F in Seven Days war aber die Helmlampe. Okay, ich weiß nicht mehr, woher ich das F hatte, aber ich habe instinktiv immer auf F gedrückt, auch wenn ich was benutzen wollte und das, naja. Egal, passiert. So, Scheiße muss los, meine Tochter will spielen. Was ja, dann liebe Grüße und viel Spaß. Ach, Bente-licious. Benti, hallo, liebe Grüße und auch natürlich an das Kleinding. An das kleine Bente. Gut, pass auf, ich würde gern ein Spiel austesten. Wollen wir das mal machen? Also heute generell eher ein bisschen Chill-Stream, weil die Woche war durchwachsen und ich nutze den Stream heute ein bisschen so wie ihr. So oft auch und zwar einfach so ein bisschen auch ein bisschen zum Abschalten. Deswegen habe ich heute auch früher angefangen. Um selber auch so ein bisschen ne und so. Was hast du in Japan an Merch geholt? Ich würde gern, ich würde gern noch ein Japan-Haul machen. Aber ich weiß noch nicht genau, ob wir das heute schaffen, weil das sind schon zwei, drei Dinge. So, nein, wir wollen chatten. Ähm. Hm. Ja. Du tust dich halt einfach, wenn du auf die Schwächen von Feinden eingehst. Ja, hat nicht immer geklappt. Vor allen Dingen, wenn du nur Feuerwaffen hast und dann kommt ein Feuergegner. Hätte man vielleicht vom Namen aus drauf kommen können, aber naja. Schön, dass du uns zum Abschalten verwendest. Ich verwende euch. So. Okay. La 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 la. La 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 la. Neues Twitch-Format. Streamer filmt sich wie er im Chat mit den Zuschauern schreibt. Das ist kein neues Twitch-Format. Es gibt, es gibt sau viele Chats. Also ganz ehrlich, es gibt sau viele. Habe ich das hier irgendwo? Ah ne, Handy ist oben, ne? Warte, hier habe ich das alte noch. Warte, warte, pass auf. Es gibt sau viele Streams. Ich gucke ja auch immer kleinere, ne? Also kleinere Streams und so auf Twitch. Ich schalte aber mal durch. Und da gibt es halt sau viele Streams, die laufen dann so ab. Mädels. Es sind irgendwie immer Mädels, die das machen. Jungs müssen immer Hallo, ich bin's, müssen immer unterhalten und sind ein bisschen Clownie und Mädels immer so. Oh, so sweet. Oh, so sweet. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Oh, thank you for the sub. Oh, thank you. Okay, I will take you on my sub, man. Nicht alle, um Gottes Willen, nicht alle. Es sind wirklich wenige Ausnahmen. Aber ja, die Kategorie ist nicht neu. Die gibt's, die gibt's wirklich, die gibt's wirklich auf, äh, gibt's wirklich auf Twitch. Hab ich schon ein paar Mal gesehen. Und dann schau ich dann auch zu und gucke einfach, ob da noch was kommt. Guck ich dann so. Und dann, aber das ist das Konzept. Das ist so, ja. Ne, das ist unabhängig von, das ist unabhängig von Bruststreams, die sind auch inzwischen relativ selten geworden. Ähm, warum schaust du das? Ich gucke immer mal wieder alle möglichen Streams durch. Und manchmal, ganz selten, und das sind, das sind die besten Streams, finde ich. Das sind die allerbesten Streams. Es sind auch, und ich behaupte, ich behaupte generell erstmal, ja, das muss ich vielleicht vorher mal sagen, ich behaupte generell, Frauen haben es auf Twitch schwerer als Kerle. So, die Behauptung stelle ich erstmal generell in den Raum. Kann man später drüber diskutieren, will ich heute aber gar nicht. Es, aus den Beobachtungen her, ist es so. Es ist wirklich so, Frauen haben es schwerer auf Twitch. So. Es ist einfach so. Du kannst auch, auch wenn du ein, auch wenn du eine Busenfrau bist, die gerne das als ihr Primärargument nimmt, selbst dann kannst du vielleicht einen gewissen Grundstamm an Zuschauern aufbauen, aber es sind nicht viele. Es sind einfach nicht viele. Die einzige mir Bekannte, die es damit wirklich relativ weit gebracht hat, ist Amurand, die kennen wahrscheinlich viele, aber die Frau, das muss man bei aller Liebe, man kann darüber diskutieren, wie man will, rein objektiv, die Frau streamt ungefähr immer, 24-7, die ist immer da. Das heißt, die kniet sich auch richtig rein. Also, abgesehen davon, die kniet sich richtig rein. Die, ich will jetzt nicht sagen, die reißt sich den Arsch auf, weil im Kontext ist das falsch, aber die, ganz ehrlich, muss ich einfach sagen, die ist immer online. Deswegen hat die auch mehr Zuschauer als vielleicht andere, die dann so. Aber davon abgesehen, Frauen haben es schwieriger auf Twitch. Schon vor allem von den Leuten, die in den Chat reinkommen, und dann irgendwelche Kommentare absondern, weil sie vielleicht denken, das wäre okay in dieser Art und Weise. Das passiert hier sehr viel seltener und dieser Channel ist relativ groß und hier passiert es sehr viel seltener, als ich das dann zum Beispiel auf irgendwelchen Channel bei irgendwelchen Mädels sehe, die vielleicht mal einfach nur ein Shirt anhaben, das vielleicht slim fit ist. So, gut. Das nur dazu. Was wollte ich gerade sagen? Ach genau, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich habe vergessen. Ich habe vergessen, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Ach ja, genau. Es gibt noch eine andere Sorte und das sind halt auch, die kommt sehr selten mal. Das gucke ich immer unheimlich gerne. Diese Sorte kommt sehr selten mal. Und das sind dann aber auch irgendwie immer Frauen. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt einen Hintergrund hat. aber das sind so Frauen, die dann im Stream sich immer betrinken, aber kein Limit haben. Und dann passiert folgendes, ich weiß nicht genau warum, das zieht dann wiederum Zuschauer an, die halt aus dieser Kategorie sind, die dann halt gerne immer so, na la la la, und ihr wisst ja, wie Zuschauer sind, die triggern auch mal gerne, die wählen dann gerne auch mal die zwei und sagen hinterher, hättest du mal die eins gewählt. Und, naja. So. Und da kippt es dann aber immer, da kippt es dann immer, dass diese mit steigendem Alkoholpegel, fangen die dann an, die Zuschauer zu beleidigen und die Zuschauer machen sich natürlich einen Spaß draus. Und das macht dann den Streamer noch saurer. Noch wütender irgendwie. Und dann ist das so eine ganz komische Eigendynamik, die sich entwickelt. Und das ist, das ist besser als RTL. Das muss ich gleich nochmal sagen. Gibt's nur ganz selten mal. Gibt's wirklich nur ganz selten mal auf Twitch. Aber das ist, ja, das ist meistens, es tut mir leid, aber das ist meistens witzig. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht bin ich da ein ganz böser Mensch. Vielleicht bin ich doch der Upside Down. Aber ich finde das immer sehr amüsant. Ach ja. So. Gronkh, betrink dich doch mal. Na, ich hab hier mal einmal aus Versehen eine Flasche Met, äh, in mich reingekippt. So, das Problem ist aber, was ich nochmal sagen wollte, bei weiblichen Streamern, die weiblichen, ich behaupte einfach mal, 90% der weiblichen Streamer auf Twitch streamen halt genau wie Kerle. Die sitzen hier so wie der dicke alte Mann, nur anders, ähm, und streamen einfach ihre Games, auch wenn das meistens vielleicht Fortnite ist oder sonst irgendwas, halt was angesagt ist, weil du musst ja irgendwie Viewer generieren, pipapo. Ähm, aber die sind einfach ganz, ganz normale Personen, die streamen. So. Und, ähm, die müssen aber dann das ausbaden, was diese andere Kategorie anrichtet, quasi. Ja. So. Jetzt reicht's aber. Hab ich das mal. Wollen wir das auch mal probieren. Wann hast du zuletzt Fernsehen geschaut? Keine Ahnung. Ich hab schon, ich wollte nie einer von den Leuten sagen, die das werden, aber ich hab schon ewig kein Fernsehen mehr geschaut. Mmh, ich hab gar keinen Fernseher mehr. Und das ist wahr. Ähm, ich hab das Gefühl, du bist tendenziell entspannter, wenn du Milch trinkst, aber ich trinke so selten. Also heute bin ich doch eigentlich, es ist relativ entspannt. Glaub ich. Hm. Hm, 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 hm. Loll, lo, lo, lo. Klingt's doch nicht krank. Das ist gut. Ich werd bestimmt zwischendurch räuspern und husten das gar nicht merken, wahrscheinlich. Der ist ja schon wieder voll sauer. Ha. Schulz sind immer noch die Ätzende, die uns dann nicht in Präsentationen. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Tatsächlich, äh, ich will auch gar keine Schuldzuweisung machen, aber Leute halt, die sich da, die da reinkommen. Wie gesagt, das ist dann immer schwieriger. Ich hab da Sachen gelesen. Einfach, ich guck dann ganz normal zu, bei ganz normalen Streamerinnen zum Beispiel, meistens deutsch. und da kommen dann Leute rein, wo ich mir denke, what the fuck, ey, boah, das wäre hier gleich, und wir haben davon weniger und wir haben aber mehr Zuschauer und das will eigentlich was heißen. Gut, sind wir ganz ehrlich, von mir will auch niemand die Füße sehen. Das verstehe ich schon. Außer, wenn die später bionisch werden, ja, dann wird die Frage aufkommen, aber jetzt aktuell, ich kriege da wenige Anfragen. Außer Leute, die jetzt schreiben, doch, zeig mal her. Meine aktuelle Fußlage ist nicht so spannend, tatsächlich. Hab heute auch keine so bunten Socken an, kann ich die, oh, ich leg die mal hier auf den Tisch, so ein bisschen. Oh, ich hab einen Krümel unterm Fuß, toll. Und Staub, weil hier unten ein bisschen Sägespäne und so. Ja, ich hab noch, hab ich Füße. Hab ich eigene. So, und ich bin übers, äh, Kopfhörerkabel gefahren, das ist ja toll. Gut gemacht. GG, jetzt kann ich, jetzt kann ich nur noch so, jetzt kann ich nur noch so hier sitzen. Ich hoffe, das war, ich hoffe, das war cool für euch. Ich will vieles sehen, aber deine Füße nicht. Ja, ich, ganz ehrlich, aber das, das liest man halt sehr oft auf Twitch und das finde ich dann, ich hab, weißt du, ist es mir relativ egal, ob Leute dann Fetisch haben, aber dann einfach irgendwo in den Chat zu gehen und sagen, wenn ich dich zugrünscht, dann hast du, das finde ich dann immer so ein bisschen, äh, das will keiner bei sich haben. So, warte. So, ich hoffe, das geht. Gut. Welche Schuhgröße hast du? Kannst du mir mal, welche Socken kriegst du heute? das will ich nicht. Das will ich nicht. So. Ja. Jemand fragt dir gerade, warum mir der Slow-Mod drin ist, von einem bis drei Minuten, hätte er sonst nur gesehen, auch nicht bei Solo Poppin oder bei Lyric oder bei sonst irgendwem. Versuch mal, jeden Satz vorzulesen oder dir durchzulesen und darauf einzugehen. Versuch das mal. Ich trage keine Socken. Eigentlich trage ich auch selten Socken, wenn ich Freitag streame. Ganz ehrlich, also wenn ich hier unten sitze, trage ich selten Socken, aber jetzt, solange ich erkältet bin, jeden Morgen Socken an. Wie lang ist dein Kabel? Du, ich hab mir gerade Audio-Kabel bestellt und die sind, ähm, die sind 1,5 Meter. Klinke. Ähm, Puma-Socken. Weil andere Streamer so viele Zuschauer dauerhaft Sub-Only-Chat anhaben. Na, Lyric aber nicht. Der hat nicht Sub-Only-Chat an. Außer natürlich am Sub-Sunday, glaube ich. Vergoldet? Vergoldet. Oh ja. Und ich habe noch neue Patch-Kabel geholt. Die kommen hoffentlich morgen an. Dann kann ich hier morgen noch ein bisschen, äh, anschließen weiter. Oh ja, oh ja, oh ja. Zeig mal, wie du ohne Socken gehst. Geschoss-Spitzen. Geschoss-Spitzen. Oder? Blitzschutz. Nuss-Schokolade. Das ist so widerlich. Oh, ich liebe diese Worte. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Worte einfach so gut. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Immer wenn ich so eine Worte finde, muss ich mir die aufschreiben. Nö, ich mache heute nicht für den Schluss, weil ich früher angefangen habe. Spiel mal 1908X habe ich schon gemacht. Bis zum... Bis bei... Bei welchem Level war ich denn da? Beim R-Type-Level, glaube ich. Und dann wollte ich nicht weiterspielen, weil ich es dann eigentlich aufnehmen wollte. Vielleicht mal zwischendurch für einen Retro-Channel. Weil das Spiel echt geil ist. Welche Farbe hat ein Kabel? Schwarz. Oh ja. Die Gerüchte sind wahr. Jetzt reicht's aber. Ham. Gesäßtasche. Gesäßtasche. Ja, ja, ja. Ach genau, Passierschein. 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 Oh Gott, das ist einfach so widerlich. Ach ja, deutsche Sprache ist schön. Hast du eigentlich mal eins der Yakuza-Spieler gespielt? Ja, Yakuza 0 hatte ich angespielt. Aber dann auch nicht aufgenommen, weil eh schon zu viele Let's Plays liefen derzeit. das Wort von Tobi war Passierschein. Und A38 ist schön, aber ich finde Passierschein 22 finde ich eigentlich auch so schön. Schießschade. Wieso hast du ein Headset auf? Hab ich gar nicht. Guck mal. Ich hab ein Bügelmikro und Kopfhörer auf. Ist aber kein Headset. Headset Qualitätsmäßig hab ich kein Headset gefunden, was da irgendwie rankommt. Deswegen hab ich das einfach kombiniert. Deswegen hab ich hier auch zwei Kabel, was irgendwie doof ist, weil das Kopfhörer was ist denn hier? Kann ich da? Ach nee, das klemmt. Das ist das, was auf den Stuhl klemmt. Müsste das mal irgendwie, vielleicht kann ich die mal zusammenbinden oder so. So. Wächst das aus deinem Bad raus? Das ist richtig. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz kurz eben Nö, 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 nö. Ähm. Lass uns mal was spielen. Ich würd's einfach gerne, es ist ne Pre-Alpha. Das heißt, ich weiß, ich hab's noch nicht angespielt. Ich hab nur den Trailer gesehen und da wir heute Chillstream haben, würd ich das vielleicht mal, kann ich eigentlich, wenn ich jetzt in den Preview-Bildschirm gehe, hier so, das darf vielleicht schon mal klein starten. Geht das? Okay, der Chat ist jetzt hier. Ich hab leider hier den Bildschirm auf der Seite, oh, die Kamera ist spiegelverkehrt, den Bildschirm auf der Seite, ähm, der ist abgeschlossen, weil ich daher den Sofa-Fernseher angeschlossen habe, damit wir vom Sofa streamen können, weil ich kann nur maximal drei Bildschirme aktuell dran haben. Ja, 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 ja. Hast du das Problem mit dem Brillenbügel unter dem Kopfhörer? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Hm. Okay. Nur drei. Ja, für Streaming sind es wirklich nur drei. Und das Problem ist, jetzt habe ich nur zwei Monitore und da halt alles im Blick zu haben, ist schwierig. So, warte, warte. Äh... Was? Ich habe eine Klammer vergessen hinter dem Ausrufezeichen? In der Laufleiste oben? Ich weiß gar nicht. Hm. Okay. Gut, wollen wir mal? Wollen wir mal, wollen wir mal? Um mich für die One Mobs Challenge zu betätigen, das ist ja widerlich. Das ist ja einfach widerlich, was hier passiert. Leute, die Sport machen und dann noch darüber reden. Das ist nie... Kann die Musik mal nicht jetzt aufhören, wenn ich trinken will? Warte, warte, warte. Wieso sind die Camps von Streaming immer mal spiegelverkehrt? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie automatisch. Ich weiß es einfach nicht. Puh. Hast du einen Tipp gegen Nervosität? Ich heirate morgen. Ähm... Das wirst du leider durchstehen müssen. Was du machen kannst, ist vielleicht, ähm, dir sagen, na gut, heute nicht. Morgen ist auch noch ein Tag, kannst du sagen, aber in dem Fall ist ja morgen die Hochzeit. Aber es ist bald vorbei. Und damit meine ich nicht die Ehe, sondern ich meine einfach die Aufregung und alles. Ähm, ist dann bald geschafft. Saufen ist ein schlechter Tipp. Glaub ich. Nicht hingehen. Also... Hm. Schlechte Idee. Hm. Ich möchte mein Baby-Gronk-Streams anhören lassen. Ist das okay? Äh, Nanayui, ähm, hier fallen vielleicht ab und zu Kraftwörter, wie Scheibe oder... Ich, ich weiß gar nicht. Aber manchmal sind wir doch sehr deutlich in unserer Wortwahl. Und manchmal wollen die Leute wissen, welche Farbe mein Kabel hat und wie lang es ist. Ähm, also es ist schwierig. Es ist alles nur in der Fantasie. So. Nein, ich lese keine Borderlands-Kommentare, weil es schon ein paar Mal gefragt wurde. Ich lese absichtlich keine Borderlands-Kommentare, denn ich möchte es nicht abbrechen müssen. So. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, das nimmt mir niemand krumm. Und in Zukunft werde ich sowas, glaube ich, eher im Stream spielen. Ja. Wann hört der Stream eigentlich auf? Äh, pünktlich um zwei. Trademark. Egal, wann er aufhört, es wird pünktlich um zwei sein. Okay. Ähm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Borderlands-Kommentar. Hm, hm. Liest du deine Instagram-DMs? Ja, aber ich krieg eigentlich nur welche von Leuten, mit denen ich connected bin. Aus Gründen, weil... das sonst schwierig werden könnte. So, pass auf. Ich würde gerne... Wieso kann heute kein... Ach, so, wieso kam heute kein Satisfactory? Wir müssen neue Folgen aufnehmen. Wir kommen erst am Dienstag wieder dazu, weil letzte Woche habe ich nicht aufgenommen. Am Dienstag. Aus Gründen. Aus Gründen. Tillmann, ich habe das gelesen. Warte, ich habe... Oh, ich habe was im Bad, Tillmann. Warte kurz. So. Gut. Hm. Fleiß-Sternchen. Ne, das habe ich nicht mehr gehört. Fleiß-Sternchen habe ich nicht mehr mitgekriegt. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. So. Ja, ich hätte Borderlands auch lieber Koop gespielt, aber hat dann irgendwie nicht mehr hingehauen. Plötzlich hatte keiner Zeit mehr für den, für den alten, einsamen Gronkh. Plötzlich hatten alle bessere Projekte und besseres zu tun und andere Freunde und dann wollte keiner mehr mit mir spielen. Und dann... Naja, habe ich Borderlands halt alleine begonnen. Ich glaube, in der Koop hätte das viel mehr Spaß gemacht, aber... Naja. Wie der kleine, dicke Junge, der auf dem Schulhof sitzt und alleine mit seinen Murmeln spielt. Mit Murmeln spielt. Mit Murmeln. Das sind diese Glaskugeln. Ach ja. Jetzt bin ich selber traurig. So, Borderlands 3. Wahrscheinlich mit Funk und Tobi. Mit Tobi und Funk. Nja. Also wahrscheinlich mit beiden. So, komm. Ich versuche mal was. Äh. Bild kommt hoffentlich gleich. Oh, ich soll die Musik mal ausmachen, ne? Diese hier. Äh. Warte, ich mach die Musik hier mal aus. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. So, warte. Bild. Bild, 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 Bild. Bild, Bild. 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 Bild, Bild. Bild. Übermäßige Warenversorgung für zu geringeren Preisen und sinkende Nachfrage nach Waren. Oh, das ist aber nicht gut. Das gefällt mir nicht. Er lädt gerade noch. Vielleicht kommt er hier kein Bild. Warte kurz. Warte kurz. Warte, warte, warte. Es geht gleich weiter. Wow, das ist der unterhaltsamste Stream, den ich je gesehen habe. So viel Spaß auf Twitch. Wow, ich kann gar nicht glauben, wie viel Laune da. Jetzt geht's los. Bild. 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 Warum kommt hier kein Bild? Warum kommt hier kein Bild? Warum kommt... Ach, deswegen. Okay, warte. Jetzt kann man es schon mal sehen. Voxel Tycoon Pre-Alpha. Ja, es ist eine Preview und es ist vielleicht ein bisschen laut noch. Ist es noch laut? 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 Wir haben ein Update für Sie. Hau ab. Erneut erinnern. Ich weiß genau, was das bedeutet. Sound passt. Hau ab. Sound passt? Echt? Ernsthaft? Nicht zu laut? Alles gut? Wow. Ich höre den Sound gut? Ich höre den Sound gut? Ich höre mich gut? Ihr hört mich gut? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, der selten geschiebt. Darum sing ich jetzt dieses Lied. Das war echt scheiße. Oh, natürlich. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu laut. Minimal laut. Natürlich. Jetzt passt es dann doch wieder nicht. Jo, passt. Siehst du ein bisschen Kacke aus, Gronkh? Ja gut, aber das sind Leute hier gewohnt. Die schalten hier nicht ein, weil sie attraktive Menschen sehen wollen. Ingame etwas leiser als du, aber ist doch richtig, oder? Es ist 0,3% zu laut. Du hörst dich selbst irritiert? Das ist ja... Nö, 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 nö. Ich kann mich immer abnehmen. Also Tonabnahme von mir selbst machen. So, okay. Hallo? Ah. Komplett deutsch. Hier, 100% deutsch. Auf deutsch. Auf german gibt es das. Ich mache... Vielleicht ein bisschen... Hat ein bisschen leiser gemacht. So. Ich bin gespannt. Für Leute. Ja. Also. Es ist kein Shooter. Es ist kein... Bam, bam. Es ist nicht cool. Es ist schon cool. Es ist eine Mischung, glaube ich, aus Minecraft und Transporter-Cue. Vom Trailer her. Es ist aber die Pre-Alpha. Es ist kein fertiges Game. Es ist nicht mal die Alpha. Es ist nur eine Tech-Demo von... Jetzt ist es zu leise. Und jetzt? Was ist der Sinn des Spiels? Und jetzt? Es ist eine Mischung. Die ist ziemlich lecker. Zu laut. Gut. Weißt du? Wir können auch einfach 5 Stunden vom Stream damit verbringen, die Lautstärke, die perfekte Lautstärke für jeden hier auszupegeln. So. Ja, der Stream war eigentlich langweilig. Aber die Lautstärke, da schalte ich wieder ein. Oh. Entschuldigung. So. Äh. Oh, ich hab noch Sand im Auge, glaube ich. So. Okay. Gut. Neues Spiel. Firmenname. Ehu. Mein Firmenname ist nicht Ehu. Mein Name ist, ähm... Firmenname vor allen Dingen. Mein Firmenname. Ähm... Kapitalisto AG. Ja, Firmenname. Ja, der Firmenname. Entschuldigung. Ich esse gleich meine Birne. Happy Zwilling Tamponaden AG. Hm. Das kommt mir bekannt vor. Waren die auch auf der internationalen Tamponausstellung? Irgendwann bist du der Südlärm mit der besten Lautstärke Deutschlands. Ja, aber ohne Zuschauer dann. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So. Wie nehmen wir das denn mal? Ähm... Heuschrecken AG. Badewasser AG, MBH und Pro KG. Das Spiel setzen wir noch auf groß. Ja, das machen wir gleich. Ich habe die Übersetzung gemacht mit Hilfe anderer. Ernsthaft? Cool. Also ich bin gespannt. Hab das Ding jetzt heute gesehen. Geile füßige MBH. Hm. Ähm. Ähm. Hä? Was denn? Axel Springer. Hm. Nee, Deutsche Bahn kann ich nicht machen. Da kommen wir ja nicht voran. Das geht nicht. Das nehme ich jetzt. Das nehme ich. Das ist unsere Firma. Firma. Entschuldigung, unsere Firma. Immer viermal, so wie du. So. Deutschland GmbH. Währung? D-Mark. Hä? Wieso gibt es keine D-Mark? Na gut, wir bleiben bei Euro. Steht den Namen Deutsch? World Seed? Keine Ahnung. Schwierigkeitsgrad mache ich nochmal. Kann ich nicht lächerlich? Ich brauche Schwierigkeitsgrad lächerlich. Warenwert leicht. Plus 20%. Maximal ist da die Inflation, Forschung. Okay, wir machen das mal. So. Okay. Deutschland GmbH. Firmenfarbe hätte ich aber gerne mal eine andere. Hier, das ist eigentlich so die, das wäre die Gronkh-Farbe eigentlich. Lila ist so ein bisschen so die Farbe der sexuell Frustrierten, sagt man. Aber ich habe es immer als Gronkh-Farbe benutzt. Heute weiß ich warum offenbar. Äh, Pink ist auch schön. Rot, Grün. Ich mag Gelb immer als Firmenfarbe. Das leuchtet immer so schön. Ich mag, ich mag generell Gelb. Ihr wisst ja, ne? Also hier. Äh. Gelb ist eine tolle Farbe. Auch wenn die Kamera gerade nicht farbecht ist. So. Okay. Dann kann, ich kann glaube ich schon mal umschalten, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie mache ich das denn hier? Ähm. Wupp. Jetzt seht ihr natürlich den Chat nicht mehr. Der fehlt jetzt natürlich. Aber ich hoffe, dass es, äh, okay. Stehe sogar in den Credits. Cool. Das ist ein Razor. Nice. Sag bis jetzt auch gut aus. Aber wenn ich Rechtschreibfehler finde, weißt du Bescheid, ne? Ich mache mich dann wieder voll drüber lustig, damit ich besser dastehe. Weil, ne? Wie das halt so ist. Vermisst du eigentlich die damalige Minecraft-LP-Zeit? Damals war alles viel einfacher und unschuldiger. Also insofern natürlich genauso sehr wie viele andere auch. So. Hm. Erkunde die Welt. Das ist der Ladebildschirm. Der ist sehr ruhig gerade. Okay, ich überdecke den Profi-Tipp. Äh... Lieber Dekai, der wäre... Der ist heute erstaunlich gering tatsächlich. Äh, der war letzten Freitag schlimmer. Und da bin ich gerade erst aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. So, Prob-Tipp. Wir machen das folgendermaßen. Ihr lernt die ganzen Profi-Tipps und könnt hinterher klugscheißen, wenn ich die nicht alle berücksichtige. Wenn ich die nicht aufs i-Pünktchen genau berücksichtige, könnt ihr immer klugscheißen im Chat. Das ist okay, oder? Wird gemacht. Alles klar. Cool. So, willkommen in der Region Brühl. Ist da nicht ein Freizeitpark? Dies ist ein guter Ort, um Geschäfte zu machen. Suche nach Rohstoffvorkommen, um mit dem Abbau zu beginnen, Fahrzeuge zu kaufen und den Bedarf der Stadt zu decken. Also, pass auf. Ich muss dazu sagen, die Map ist, soweit ich weiß, endlos. Es ist eine endlose Map, ähnlich wie bei Minecraft. Und sieht hier natürlich auch ein bisschen aus, ähnlich wie bei Minecraft. Man kann stufenlos rein- und rauszoomen. Wie man sieht, ich kenne die Steuerung selber noch nicht. Hier ist Brunsbüttel. Brunsbüttel, das ist ja echt wie Transporter-Cune. Ich kann hier ein bisschen kippen. Ich würde gerne noch mehr nach geradeaus kippen. Ah, das geht hier. Okay. Rechte Post-Taste bewege ich mich vorwärts. In Rheinfelden ist gerade Winter. Oh. Da ist gerade Winter, da komme ich aber gerade noch nicht hin. Hier sind noch andere Biome. Gehlenhausen. Region Germering. Klicke für Infos. Wirf vor den Kauf. Oh, das muss ich kaufen für 747.000. Das ist ein ganz normaler Streaming-Freitag. So. Ähm. Kohle. Okay. What the fuck? In Gehlenhausen wohne ich. Styler to go. Hier hinten. 113 Einwohner. Einer davon ist Styler to go. Gehlenhausen ist direkt bei mir um die Ecke. Geil, Brunsbüttel, meine Heimatstadt. Ich glaube, wo muss man denn anfangen? Ich guck mal ganz kurz. Holz. Da gibt's Holz. Hier ist Waldershof. Da kommen wir noch nicht hin. Kohle. Wir kommen nur noch Brunsbüttel. Oh, hier ist Brühl. Da sollen wir ja anfangen. Was brauchen die? Die brauchen Eisenerz, ne? Äh. Eisenerz. Hohe Nachfrage. Und wir können hier Eisenerz natürlich hinmachen. Wenn du bereit bist, stelle komplexere Produkte her. Erforsche neue Technologien. Und erweitere Deutschland GmbH. Deutschland GmbH. Auf neue Gebiete. Viel Glück. So, Gebiet. 4 Millionen Quadratmeter. Städte. Brühl. Brühl. Brunsbüttel. Gehlenhausen. Und Herdorf. Jemand aus Herdorf hier? Cool. Kann man die GUI größer machen? Das weiß ich noch nicht. Ich guck mal ganz kurz. Sichtweite, Auflösung, Schatten. Man kann sehr viel machen. Aber ich glaube... Äh. Ich glaube, die GUI vergrößern Skalierung. Geht aktuell noch nicht. Kommt bestimmt. Wie gesagt, ist momentan... Ist momentan eine Pre-Alpha. Ist noch nicht mal eine Alpha. Bei Spiel gab es eine UI-Skalierung. Okay, muss ich mal ganz kurz gucken. Vielleicht bin ich zu doof. Ähm. Dann schaue ich noch mal. UI-Skalierung. Ne, geht nicht. Geht auf keinen Fall. So. Das reicht aber, ne? Weil sonst wird es zu groß. Das müsste reichen. So blind seid ihr, glaube ich, auch nicht. Die V-Sync aus? Nein, die V-Sync brauche ich an. Also ich mache bei Spielen immer, wenn ich OBS laufen habe, mache ich V-Sync an. So, ähm. Aus Gründen. Und ich streame hier eh noch mit 60 FPS. So. Ach so, nächster Profitipp. Bitte lernen. Drücke Alt. Ich habe Alt gedrückt. Okay. Um mehr Informationen über das Netzwerk zu sehen, wie zum Beispiel der Inhalt von Lagerhäusern und Fracht von Fahrzeugen. Ich drücke Alt. Es geht aber gerade noch nicht. Wir müssen, glaube ich, erst mal alles klar machen, ne? Ach, wir haben ja momentan auch noch kein Netzwerk. So, okay. Wie geht das jetzt? Eisenerz. Straßenindustrie. Ressourcengewinnung. Warenhäuser. Verarbeitung. Wir müssen uns das alles selber beibringen, fürchte ich. Ressourcengewinnung. Hier ist Eisenerz. Wir machen eine Eisenmine. Wie viel Geld habe ich denn? 675.000. Kann ich den Berg hier vorher abbauen? Hm. Die Musik ist zu laut. Nein, die ist perfekt ausbalanciert. Muss ich hier, soll ich hier, macht es Sinn, wenn ich hier vorher vielleicht das Land runterbaue? Förderbänder, Elektrizität, Terra-Terraforming ist genau mein Ding. Absenken. Würde es Sinn machen? Minecraft in klein. Ach, ihr glaubt gar nicht, das ist gar nicht so klein, wie man denkt. Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gerade noch, aber ich spiele es ja auch zum ersten Mal, ne? Nicht wundern. So, Ressourcengewinnung. Jetzt mache ich nämlich eine Eisenmine. Kann ich die auch drehen oder kann ich die... Ah, mit R kann ich rotaten. So, ich mache die mal so, dass sie in die Richtung zeigt. Hier geht es sowieso ein bisschen bergab. Mit WASD kann ich auch die Maps scrollen. Ich müsste hier dann sowieso ein bisschen runter. Hier so. Aber das ist okay. Eisenerz dezimiert? Was? War doch richtig, oder? Eisenerz auf das Ding. Achtung, kostet alles sehr viel. Man bekommt sehr wenig Gewinn. Okay. Na gut. Oh, hier geht es nochmal runter. Ich muss gucken, wie ich das Eisenerz da hinkriege. Einfach einen Bahnhof bauen? Oder reicht es, wenn ich hier... Wenn ich erstmal nur Straßen baue. Terminals, Fahrzeugdepots. Gleise, Förderbänder, Elektrizität. Für Förderbänder sind wir noch nicht, oder? Ne, kann ich noch nicht machen. Fertigung erforschen müssen wir auch noch. Oh, okay. Klimawandel beginnt. Ja, wir können die Musik gleich leiser machen. Oh Mann, diese Kabel. Da muss ich noch eine Lösung finden, eine bessere. So. Erstmal die Tipps durchgehen. LKWs sind exzellent für kleinere und kürzere Strecken. Sage ich doch. Während Züge eher für den Aufbau von Langstrecken mit deutlich höherer Kapazität geeignet sind. Das haben wir schon rausgefunden. Eher zum Rotieren. Die Maximalgröße deines Bankdarlehens... Banddarlehens, hab ich grad gedacht. ...wächst langsam über Zeit. Es kann sich als besonders nützlich erweisen, wenn ihr Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten gerät oder schnell expandieren muss. Halte stückgedrückt, um mehrere Gebäude selten zu bauen. Übermäßige Warenversorgung führt zu geringeren Preisen und sinkender Nachfrage bei Waren. Oh, ich verliere die ganze Zeit Geld? Okay. Doch. Warum? Oh, Instandhaltung, wa? Kann ich hier Pause machen? So. Klicke und halte das Mausrad und drücke Control und die WSD-Taste zum Rotieren der Kamera. Okay. Das haben wir auch schon gemacht. Geschäfte haben keinen Zugriff auf deine Warenhäuser. Für die Zustellung musst du Frachtterminos oder Bahnhöfe bauen. Städte wachsen schneller, wenn alle Geschäfte gut mit den benötigten Waren versorgt werden. Es ist wirklich wie Transporter-Cune. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Halte. Aha. Ja, da ist bei der Übersetzung wohl hier der... Oh, das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht übersetzt. Oh, ganz furchtbar. Nee, kann ich nicht mehr spielen. Muss ich ausmachen. Da ist hier. Guck mal, der ist falsch rum. So. Halte. Oh, warte mal. Hier ist... Das Idee fehlen hier irgendwie, ne? Ist das richtig? Ich hoffe, das ist richtig. So. Halte, Shift gedrückt und klicke, um mehrere Einheiten auf einmal hinzuzufügen. Das Zuweisen von Fahrzeugen mit denselben Aufträgen zu einer gemeinsamen Route erleichtete die Kontrolle und... Das Zuweisen von Fahrzeugen mit denselben Aufträgen zu einer gemeinsamen Route. Ah, okay. Cool. Die Hauptanwendung von Förderbänden ist der Transport von Waren über kurze Distanzen und zwischen Fabrikmaschinen. Das Beladen und Entladen dauert deutlich länger, wenn der Zug deutlich länger als die Station ist. Oha. Halte, Shift gedrückt, um die gleiche Ladung gleichzeitig allen Wagen zuzuordnen, die diese Ladung transportieren können. Okay. Ein Unternehmen kann durch direkte finanzielle Unterstützung vor dem Bankrott bewahrt werden. Die Geschwindigkeit eines Zuges ist limitiert durch das langsamste Teilstück. Ja, ja gut. Das macht Sinn. Okay. Kann ich die Profitipps auch wieder schließen? Nein. Okay. La, 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 la. Jetzt noch die jazzige Musik wie ein Transporter-Kindelux. Oh ja, Mann. Das wäre schön. Gibt es da nicht auch so Packages von OpenTTD? Kann man die verwenden frei? Das weiß ich gar nicht. Okay. Gut. Dann lass mal gucken. Warum ist das jetzt hier grün? Ist das schon alles gefördert? Nee, ne? 37 von 58. Ich muss es doch drauf... Also ich hätte es draufsetzen müssen, ne? Gleise. Ich mach erst mal Straße legen. Ich hoffe, das geht. Kann hier nicht bauen. Warum kann der da nicht bauen? So, warte. Warte. Hat das ein Einzugsgebiet? Also kann ich da jetzt abholen? Ja, oh. Das geht natürlich... Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Können wir später vielleicht noch korrigieren. Aber ist das... Hat das ein Einzugsgebiet? Wenn ich jetzt sage, hier Terminals. Wir brauchen einen Terminal. Eine Frachtstation. Das müssten wir theoretisch hier hinbauen. Ähm. Das müsste eigentlich gehen, oder? Wenn man das hier hinmacht. Ja, hat Einzugsgebiet. Hier das gelbe. Ist das Einzugsgebiet? Das müsste gehen. Kann ich das nicht einfach so drehen, dass es direkt hier dran ist? Ja, ne? Ja. Das geht. Ich kann sogar hier. Da muss der Bus nicht ganz so weit. Ich mach trotzdem hier so. So. Okay. Brühl-West. Und das kann ich jetzt... Kann ich das umbenennen? Ja, ich kann es umbenennen. Ähm. Eisenerz. Ähm. Die Minen von Moria. Mopria. Die Minen von Moria. Nur mal testweise einfach. Und dann haben wir in Brühl können wir noch ein Terminal machen. Das müsste dann zum Beispiel hier irgendwo sein. Kann hier nicht bauen, weil da müsste ich erstmal ein bisschen Terraforming machen. Wenn ich die Station aber hier hinsetze, da, dann müsste es noch klappen. 100% gewinnen. Das müsste noch ausreichen hier. Und wir können hier auch vielleicht auch eine Bushaltestelle draus machen. Ich weiß auch nicht, ob es hier Passagiere gibt. So. Sie sagst du Rise of Industry? Ja, aber die Map hier ist, äh, unendlich quasi. Das ist eine unendliche Map wie bei Minecraft. Soweit ich weiß. Hab ich zumindest gelesen. Kann ich Brühl umbenennen? Ah, die steht hier leider nicht. Schade. Oder? Bürgermeister Bastian Körner. Würde ich auch gerne umbenennen. Ich will alles umbenennen. Also Brühl würde ich lassen, weil einige Leute wohnen hier offenbar in Brühl. Aber generell. So, Fahrzeugdepot. Erstmal eine Garage bauen, weil wir müssen ja, irgendwo müssen die Autos ja herkommen. Mach ich auf der Mitte der Strecke, weil wenn der repariert werden muss. Oder vielleicht, wenn ich noch woanders hin liefere. Zum Beispiel nach Brunsbüttel. Die brauchen nämlich auch Eisenerz. Wenn die hier zu viel haben, können wir vielleicht nach Brunsbüttel weiter bauen. Also eventuell wäre es doch gut, wenn ich das Fahrzeugdepot einfach mal, äh, ich brauche eine Straße dafür. Ich mache erstmal hier Straße. Kann hier nicht bauen, hä? Äh, ja, weil, ja gut, da muss ich natürlich. Okay, Terraforming, lalalalala. Nicht zu viel Terraforming, weil, kostet ja. Und wir haben, wir sind fast pleite, wir haben nur noch eine halbe Million. Kann hier nicht bauen, hä? Weil die Brücke zu groß ist, ne? Hm. So, warte. Ich probiere nochmal so. Kann hier nicht bauen. Das ist einfach unverschämt. Hä? Das will ich nicht. Okay, das geht gar nicht. Brunsbüttel. Was? 2541? Äh, 2551. Äh, weißt du schon. So, Fahrzeuge und Städte können auch einen Namen von Spendern haben, die donated haben. Uh, habe ich heute ein bisschen. Habe das Spiel gekauft und ich habe noch ein bisschen was draufgelegt, weil Entwickler unterstützen. Aber war nur ein bisschen was. Ähm. Reicht wahrscheinlich nicht für einen Menschen. So, okay. Dann machen wir mal ganz kurz hier. Äh, das Spiel selber kommt auf Steam raus. Gibt es gerade erstmal nur auf Itch.io. Und da muss man es natürlich auch kaufen. Äh, ist ein bisschen wie bei Minecraft damals. So, Brülen und West. Okay, pass auf. Ich mache jetzt mal, ne, hier. Da, die Garage mache ich mal. Ach ja, die Straße ist noch nicht lang genug. Ich bin echt der beste Bauarbeiter. Okay, das geht. Ich mache die hier hin. Garage 1. Dann kaufe ich mir ein LKW. Ich kaufe mir ein LKW. Äh, Spiel ist noch pausiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Während ich baue, will ich kein Geld verlieren. Solange ja kein Geld gewonnen wird. Äh, fortschrittliche Möbel. Schaltkreis, Kupferkabel, Möbel, Glasscheibe, Glasröhre, Eisenteile, Eisenblech, Radio, Fernseher, Vakuum. Was? Okay. Man sieht, wir sind auch ganz am Anfang. Holz, Holz, Holz. Und hier, ähm, wie viel Eisenerz kann der? Gar keins. Ich dachte, da steht noch Eisenerz. Okay, wir müssen das hier machen, ne? Eisenblech. Aus Eisenerz machen wir vielleicht Eisenteile. Je nachdem, was die Fabrik macht. Ähm, Eisenerz 5. Ist nicht so viel, ne? Mh, okay. Momentan haben wir nicht viel Auswahl. Kaufen. Ich kaufe das mal. Fahrzeug 1. Route. Fährt erst. Fahrzeug 1 fährt erst nach hier oben in die Mine von Moria. Oh, das geht nicht. Vollständig beladen. Mine von Moria. Und dann, entladen, Brühl-Nordwest. Nicht vollständig entladen, weil manchmal braucht er hier nix, dann kann er vielleicht weiterfahren oder so. Ich weiß es nicht genau. Leider kann man ja kein If machen, glaube ich, ne? Also wenn er zum Beispiel, wenn er zum Beispiel, wenn er keine Ladung mehr hat, wenn er noch Ladung hat, dann weiterfahren. Wenn er keine Ladung hat, dann zurückfahren. Das wäre irgendwie ganz cool. Details. Hier steht Kohle. Braucht er Kohle? Fahrer ist Heiner Hain. Der fährt sehr gut. Ich hab den schon mal gesehen. So, wir lassen ihn mal losfahren. Ach ja, wir sind noch auf Pause. Warte. Und da fährt Heiner Hain. Es ist Heiner Hain. Muss ich die Kohle noch umstellen? Muss ich Eisenexplizit einstellen? Weil jetzt steht Kohle immer überall. Da steht Kohle. Ich weiß nicht, ob ich das umstellen kann. Warte mal. Äh, Fahrplan. Vollständig beladen. Davor und entfernen. Okay. Äh, Fahrzeug folgen. Oh, Fahrzeug folgen. Mitfahren. Reicht mir schon. Umschauen. Hallo. Brumm, brumm, brumm. Juhu. Entschuldigung. Ich freu mich gerade. Juhu. Ich fahr mit. Ich bin der Pit und ich fahr mit. Bitte einmal, bitte einmal laden. Möchte gerne einmal alles hier. Können Sie mir einen LKW tun? Boah, mit Zugstrecken fahren. Ja, das wird toll. Oh, ist das cool. So. Umschauen. Äh, Sicht ändern. X, 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 X. Und Zoom ist rechte Maustaste und Mausrad. Oh, gut. Okay. Das Problem ist, wenn der Kohle lädt, werden wir niemals vollständig beladen. Wie komm ich denn wieder raus? So. Wenn der Kohle lädt, werden wir... Hier, 0 von 5. Der will Kohle laden. Ähm, wie kann ich dem sagen, dass er keine Kohle laden soll? Ähm. Dööö. Scheißspiel. Konkert Spaß. Ähm. Förderband ist noch nicht freigeschaltet. Können wir gar nicht machen. Was, du geiler, bärtiger Rentner. Also, schön. Ähm. Du verlierst Geld. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm. Warte, mit der Kohlen. Beim Einkauf konnte man es ändern. Warte mal. Kaufen. Ich kauf den jetzt nicht, ne? Also, nicht wundern. Kaufen. Oh na... Oh nein. Oh nein. Das habe ich übersehen. Diesen Popel, die habe ich übersehen. Kann ich den nachträglich konfigurieren, wenn ich den zurück in Dingens schicke? Ins Depot schicken. Wähle ein Depot. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann den, äh... Ich hoffe, das geht. Fährt er zurück? Nö. Äh... Entfernen. Entfernen. Fährt jetzt? Suche nach Stress? Was? Suche nach Stress? Hä? Hä? Wie suche nach Stress? Was ist denn das? Brauchen wir hier in Berlin? Okay, alles klar. Suche nach Stress. Fahrer zum Depot. Warte, warte, da ist ein Timer. Oh, okay, so läuft das. Das kommt bestimmt später, dass der dann irgendwie umdreht irgendwo und dann ins Depot wirklich fährt. Äh, Fahrzeug 1. Kann ich den umrüsten? Das ist die Frage. Umbenennen geht? Das ist toll. Aber ich muss den halt echt umrüsten. Das geht, glaube ich... Ich sehe nicht, wo das geht. Ah, das ist aber doof. Ich meine, wir können ihn behalten. Wir werden 100 pro noch... ...in der Garagenansicht. Ah, vielen Dank. Ja. Eisenerz. Was ist das? Einheit ausgewählt? Ah, da kann man mehrere umrüsten auf einmal. Okay. So. Nein, hin, fort. Okay, warte. So. Fahrplan. Matthias, danke schön, lieber Matthias. Vollbändig beladen. Ähm, nach hier hin. Und dann nach dahin noch einmal entladen. Hier. So, und jetzt nochmal, bitte. Das sieht schon besser aus. Ist noch ein bisschen tricky. Muss man noch ein bisschen reinkommen, aber... Ach, schön. Fahrerhain. Hier war das, ne? Hupen. Mitfahren. So. Heidewitz, ja, Herr Kapitän. Da, 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 da. Ach, schön. So, können wir jetzt die Kisten hier mitnehmen? Bitte einmal aufladen. Ja, das sieht doch gut aus da hinten. Oh, 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 oh. So. Warte, warte. Da fährt er und er ist voll beladen. Und er müsste jetzt hier abliefern. Äh, Eisenerz. Stillstand, Statistiken. Geld verdient 0 Euro. Besitzer Dominik 2000. Hey, Dominik. Ach, ja, stimmt. Der muss dazu brühen und best. Der fährt nicht hier hin. Der fährt dazu zu unserer Haltestelle. Sehr gut. Und jetzt müsste die Stadt eigentlich anfangen zu wachsen. Nach und nach. Trend schrumpfend. Aber kein Stillstand mehr. Jetzt ist Trend schrumpfend. Es geht bergauf. Level 2 auf 3 braucht mehr Bevölkerung. Die Bevölkerung wächst aber, wenn die hier Waren kriegen. Wenn ich das von Transporter Q noch richtig in Erinnerung habe. Neue Gebäude finanzieren können wir auch. Wir können die Stadt wachsen lassen. Künstlich. Aber ist mir zu teuer momentan. Nachfrage Eisenerz. Bastian Körner wird's regeln. Ähm, wir brauchen hier... Holz. Können wir einfach Holzfäller bauen? Ressourcengewinnung. Nichts zum Abbauen hier. Das ist überall Holz. Muss wahrscheinlich ein Wald sein, ne? Wahrscheinlich gibt's Wälder. Und die sehen nicht so aus wie hier. Sondern da gibt's Kohle. Ähm. Ich kann leider in die anderen Gebiete noch nicht rein. Kann ich hier Fische angeln? Erik, ich will zwei Kinder von dir. Gar kein Problem. Einfach am Ausgang gucken. Da steht ein Korb mit übrig gebliebenen Kindern. Kannst dir einfach eins mitnehmen. So. Also zum Adoptieren. So, Gehlenhausen. La 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 la. La 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 la. Ich will... Ich will... Ich will... Bäume fällen. Wie kann ich denn Bäume fällen hier? Wir könnten eigentlich sogar zwei von den Dingern machen, ne? 195.000 sind da nur noch. Das wird natürlich dauern, bis die weg sind. Warte, warte. Das hat mir bei den Bienen von Moria nicht an, wie viel ich da lagern habe. Ich kann es umbenennen, aber ich kann nicht draufklicken, warum. 58, 58. Im Norden war ein Wald. Norden war ein Wald. Ein Wald. Mmh, Holz. Oh ja. Herdorf braucht Holz, aber der Weg ist natürlich relativ weit. Jetzt ist die Frage, ob wir uns einen Zug... Dann gehen die Profitipps ja mal weg. Können wir uns einen Zug leisten? Und vor allen Dingen verdienen... Wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen Geld verdienen, ne? Nicht allzu viel. Hier ist noch Kohle. Mit Kohle können wir gerade noch nichts anfangen. Da brauchen wir Kraftwerke wahrscheinlich später. Sind die Kinder auch stubenrein? Nein. Nein, nein, die sind verwahrlost tatsächlich. Da muss man nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, ich würde die Profitipps gerne ausschalten. Aber es geht nicht. Kohleausstieg wann? Haben doch gerade erst angefangen. So, wir verdienen ein bisschen Geld. Ja. Ja, ja. Dauert ein bisschen, aber mit unserem neu verdienten Geld wollen wir ein kleines Investment machen. Und zwar, Herdorf braucht Holz. Und auch da unten wird Holz benötigt. Hier wäre die Strecke ein bisschen länger. Unterwegs gäbe es noch Kohle. Und hier gibt es noch Eisenerz. Eisenerz verhindert Schmerz. Eisenerz verursacht Terz in meinem Herz. Ich habe keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Okay, warte mal. Wie sieht es denn hier aus? Hä? Ich wollte die andere... Ich muss mich hier echt noch ein bisschen reinfisseln. Ich wollte auf das Gebäude klicken. Schrumpfend immer noch. Düsseldorf, Frankdorf, Magdemund. Ja, Mann. Transporter Q. Leute kennen Transporter Q. Ich freue mich voll. Transporter Q habe ich so gerne gespielt immer. Oh, das war so super. Schatten... 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 Der Schattenwald steht da oben. Schattenwald. Schattenwald. Macht die Ratten kalt? Oder was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. So, ähm... Ich würde mir gerne noch einen zweiten klabustern. Komm, einen zweiten Transporter kann man ja machen. Wir haben ja ein bisschen da oben. Wir müssen ja nicht allzu sparsam sein. Eisenerz. Den kaufen wir noch. Ähm... Ach ja, der ist ja... Ach so. Anwenden, ja super. Äh... So. Und dann... Der auch vollständig beladen. Hier. Und dann... Entladen. Auch Brühl, ne? Ich mache das mal, wenn der weg ist. Wobei der könnte jetzt eigentlich schon mal... Damit die sich nicht selber am Weg stehen. So, hier. Ich habe irgendwo ein Haar, was mich pizzt. Das ist ein Barthaar. Okay. Transporter-Cune. So lange großartig, bis man ans Fahrzeug-Limit stieß. Oh ja. Und dann musstest du alte Busse irgendwie wegräumen, damit du noch Flugzeuge und Helikopter bauen kannst. Aber... Open... Äh... Open-Transporter-Cune. Das empfehle ich. Kostenlos. Ähm... Voll geil. Kannst du einen weiteren Transporter zum Eisen schicken? Schon geschehen. Ja, schön. Die holen immer fünf ab und hier... Das passt. Ja, vielleicht kriegen wir die leer. Ich weiß nicht. Vielleicht reichen zwei Transporter wahrscheinlich nicht, ne? Auf jeden Fall reicht es, um hier die Nachfrage ein bisschen zu befriedigen. Und hier ist natürlich ein bisschen weiter entfernt. Brunsbüttel, wenn ich das anschließe. Schade, dass wir kein Passagiertransport machen können mit Bussen. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Das habe ich immer ganz gerne gemocht, wenn man Passagiere und Post hier von einer Stadt zur anderen geliefert hat. Bei Transporter-Cune. Open-Transporter-Cune kann auf eine Million Fahrzeuge gestellt werden. Pfff. Hä? Kein Torg heute? Wir hatten doch Torg. Hatten wir doch. So, okay, pass auf. Ich mache mal kurz eine Straße. Ich verbinde mal Städte. Ich verbinde Städte, Freunde. So kennt man uns doch. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der ist hier auf der Höhe. Okay. Dann würde ich eventuell noch ein bisschen Terraforming machen. So. Ich probiere mal den hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Terraforming. Terraforming. Alter, ist das teuer. Nein, nicht speichern. Ist das... Das ist echt ganz schön teuer, das Terraforming. Die Straße kann ich nur gerade bauen, ne? Ich kann nicht schräg, oder? Das lässt mir keine Wahl. So, warte. Ich muss Geld sparen. Ich muss einfach Geld sparen. Ah, okay. Das geht nur bis dahin. Ah, verdammt. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, ich habe da nicht daneben gebaut, sonst ist alles vorbei. Sonst fange ich nochmal alles neu an. Okay, ist das richtig? Das sieht gut aus. Nein, nein, nein. Okay, ich muss... Ich habe zu weit gebaut. Das geht zu weit. Ja, sehr gut. Ist das alles teuer. Ist alles sehr teuer, aber wir haben zwei Städte verbunden, ohne zu viel Geld auszugeben. So, ähm... Das Kabel ist echt störend hier hinten. Ich brauche dafür noch eine Lösung. So. Dann... Sieht nicht verbunden aus, wie... Äh, was ist denn das? Hä? Was bist du denn? Okay, ist eine Pre-Alpha natürlich, klar. Ist eine Pre-Alpha, da passieren natürlich manchmal Dinge. Okay, wir können jetzt von Garage 1, das war hier extra da unten gebaut, können wir jetzt ab und zu mal Minen von Moria, 58. Super, da können wir nochmal zwei schicken und die... Wobei der Weg schon ganz schön lang ist. Kaufen. Ich möchte direkt zwei kaufen. Kann ich das? Kaufen. Äh, ich kaufe nochmal so einen. Wieder mit Eisen. Kaufen. Kopieren. Musik passte gut. Ähm, Details. Okay. Vollständig beladen. Hier oben. Minen von Moria. Wir haben noch keine Busstation. Da gehen unsere Steuergelder. Wir haben hier noch keine Busstation. Was ist das denn hier? Brunsbüttel. Wer baut denn in Brunsbüttel? Wer ist denn da für den Bau verantwortlich? Das ist ja nur Kacke. Wir brauchen hier noch einen Terminal. Äh. Kann ich nicht bauen? Kann ich nicht bauen? Was ist das da? Was ist das denn? Hä? Brunsbüttel. Was ist denn los bei dir? Brunsbüttel, bitte. Okay, Terminals. Ich hoffe, das geht hier. Das passt, ne? Beides 100% gewinnen. Okay, das heißt, wir können da auch Bäume hinliefern. Oder wir können hier noch eine Dingens machen. Okay. Entladen. Brunsbüttel. Müsste reichen. Schicke ich direkt mal los. Ich hätte den jetzt kopieren sollen. Das wäre einfacher gewesen. Jetzt muss ich vollständig beladen. Oder mit Shift kann ich das... Ich konnte das mit Shift irgendwie machen, ne? Oder dann so Gruppen machen. Entladen. Hier. Hier. Brunsbüttel. In Brunsbüttel. Da fahren die alle. So. Komm ich da überhaupt hin? Komm ich da überhaupt hin? Wegen... Sonst muss ich hier neu bauen. La, 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 la. Ah, ne. Kann ich ja lassen. Ähm... Was will man denn hier noch sagen zu dieser Stadt? Was will man denn da noch sagen? Äh, Terraforming. So. Da müssen wir wieder selber Hand anlegen. So. Jetzt sitzt auch die Kreuzung. Das hier, darüber reden wir mal nicht. La, 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 la. 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 So. Müsste sich aber erledigt haben, ne? Brunsbüttel, Südwest. Jetzt müssen die da hinkommen. Schauen wir mal. Du, 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 du. So, warte. Ich finde Spottercune so lange geil, bis du den Int für dein Geld exilest und plötzlich aus damals ungeklärten Gründen minus vier Milliarden Geld hattest. Ich glaube, das ist mir nie passiert. Ich hatte echt eine Map, die sehr, sehr fortgeschritten war. Oh, warte mal, komm, dann jetzt werden die da beide hinfahren parallel. Mach ich mal hier, ähm, vollständig beladen. Flump. Und dann mach ich mal, äh, entladen, schnell Brunsbüttel. So. Oh, schön. Mäh, mäh. Bim, 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 bim. Ja, das sind alles seine Straßen. Die gehören nicht uns. Wir bauen die nur, das sind aber alles seine Straßen. Da haben wir nix, äh, haben wir nix mit am Hut. So. Hallo, Brunsbüttel. Hallo. Hallo, liebe Einwohner. Ich grüße Sie. Hallo, hallo. Huch. So, einmal abladen, bitte. Warum ist da Brunsbüttel? Das weiß keiner so genau. Ach, die fahren immer bis zum Ende der Straße, weil die nicht einfach so wieder rausfahren können. Schwierig. Beim Plus rechts von individuellen Routen kannst du auch speichern. Huch. Patty, danke schön, lieber Patty. Bim, bim, bim. Bim, bim. Ah, das ist momentan alles noch Natur. Bitte nicht erschrecken, das wird später noch alles zugebaut. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen sparen. Wir haben gerade viel Geld ausgegeben. So. Das ist Elektro-Minecraft. So. Moin. Alter Kollege gerade. Die Minen von Moria werden richtig schön, die werden richtig schön ausgeplündert jetzt. Aha. Elektrokraftwerk. Hier schon Hochhäuser. Da wurde schon die Arbeiterschaft, wegen dem Eisen. So. MK2-Förderbänder machen wir nicht. Wir bleiben bei 1. Das hat damals gereicht, das reicht für immer. Ähm. Wann kommt E-Mobilität? Bitte. Bitte. So. Wunderbar. Das klappt wie am Schnürchen. Und irgendwann verdienen wir auch mal mehr Geld. Jetzt kommen die Leute in Brunsbüttel nicht mehr in ihre Häuser. Das ist mir egal. So. Roxas. Nein, das ist so klein. Ich kann das nicht lesen. Irgendwann. Das war so winzig. Ich brauche den Bildschirm wieder. Ich brauche meinen Privy-Bildschirm wieder. Ich muss hier umbauen. Ich kann die kleinen Texte nicht lesen. Ja, wenn ich spiele. So. Viel zu viel CO2? Nein. Nein. Also hier. Guckt ihr es mal an. Das ist so viel Natur hier. Da müssen wir dringend was gegen tun. In diesem Fall. Ähm. Ich rufe deswegen jetzt neue Protesttage aus. Die heißen Fridays for Fabrics. Sag mal, Fabrics ist Stoff auf Englisch, ne? Freitags für Fabriken. Das ist mein neuer Protest, den ich hier ausrufe im Spiel. Ähm. Da kann man ruhig auch mal auf die Straße gehen für. Fridays for Factories. Ja, Factories, nicht Fabrics. Was ist denn los mit mir? Fridays for Factories. Entschuldigung. Was ist denn los mit mir? Ich bin noch verschnuppert. Da bin ich nämlich nicht mal leistungsfähig. Jedenfalls, ja. Ihr wisst Bescheid. Freitag, Freitags for Factories. Jetzt alles vorbei. Ich gehe in Rente. Tschüss. So. Freitag gibt's Stoff. Gut. Brunsbüttel. Versorgungsrate sehr niedrig. Das müsste aber mehr werden. Nachfrage zwei von zwei. Nachfrage sehr hohe Nachfrage. Minus für eine Achtung. Was? Wir haben doch geliefert. Im Lager. Wie sieht's denn hier aus? Bei Brühl. Bei Brühl. Nachfrage. Hohe Nachfrage. Vier von der 220 im Lager. Geht der Preis runter oder was? Wenn der Preis runter geht, da geht man den Zornhals aber hoch. Da, ähm. Also wir verdienen auf jeden Fall ein bisschen Geld hier unten. Man sieht es ja. So, hier Gebäudebau war teuer. Neue Fahrzeuge waren natürlich auch teuer. Ja, wir haben viel Geld erst mal ausgelegt. Ähm. Unser Profit im vorherigen Monat war ein Minus 181.000. Weil, ist aber aus steuerlichen Gründen. Ja, wir können das ja alles auch absetzen. Ähm. Aber diesen Monat haben wir leider aus Versehen Plus gemacht. Das geht nicht. Wir haben momentan Darlehen. Oh, deswegen machen wir Minus. Tilge. Oh, wir müssen gucken, dass wir unser Darlehen loswerden. Ich mag keine Schulden haben. Ja, die brauchen Holz in Herdorf. Emelshausen kann man gerade nicht... Oh, hier ist Kirchen. Dein ist Euskirchen. Cool. Emelshausen. Äh, kommen wir noch nicht hin. Holz in der Emelshausen. Ah ne, die brauchen gar nicht Holz, ne? Holzträger. Das kennt man sonst nur von BHs. Sehr stabile BHs. Oh, ach, da ist auch nochmal Holz. Oh, okay. Alles auf Pump finanziert, ist doch klar. Okay. Ähm, Eisenerz. Kann ich selber Fabriken bauen? Industrie, Warenhäuser, Verarbeitung. Erforsche neue Technologien zum Freischalten neue Gebäude. Okay, Warenhäuser. Was machen die? Also klar, da kann ich Waren einlagern, aber muss ich das momentan machen? Ne, ne? Labor ist doch mal forschen. Ich hätte gern... Ich würde gerne wissen... Ich würde gerne wissen... Ja... Labor ist bestimmt für die Forschung, ne? Kann ich schon mal eins bauen? Wäre das sinnvoll, jetzt schon eins zu bauen? Okay, Chat, soll ich schon mal Labor bauen? Soll ich schon mal eins... Ja, die Tooltipps fehlen noch. Die Tooltipps, wie gesagt, ist ne Prä-Alpha. Und das wäre echt sinnvoll, jetzt zu wissen, wofür ich ein Labor mache. Ich glaube zum Forschen. Okay, er ist raus aus der Schuldenfalle. Hol dir Touristen? Die holen nicht aus dem Minus. Ich glaube nicht, dass wir Touristen holen können. Also ich glaube eher nicht Förderbinder. Vielleicht mit Förderbinder können wir Touristen holen. Ja, vielleicht sinnvoll, vielleicht ist es wirklich erstmal sinnvoll, wenn wir erstmal Sachen machen, die uns Geld bringen. Und dann die Labore, ne? Wenn wir erstmal investieren, um Geld zu verdienen, bevor wir in die Forschung investieren. Vielleicht sinnvoll. Ja, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Okay, Labor. Labor, Labor, Labor. Labor. Was ist das hier? Forschungsmanagement. Bauer ein Labor. Bauer, Bauer ein Labor. Historie, nichts erforscht. Du Lappen. Okay, der Wald. Aber wenn ich jetzt... Die Strecke ist schon ziemlich lang, ne? Da würde sich ein Zug vielleicht schon lohnen. Aber das Problem ist, ich kann mir nicht leisten, eine geile Zustrecke zu bauen. Betunneln und alle möglichen. Der Wald ist hier erreichbar durch ein Schlupfloch zwischen dem Geberge? Ja, 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 ja. Okay, die Frage ist... Gleise verlegen. Stationen, Zugdepots, Sign... Oh Gott, Signale. Das wird ja lustig. Ähm... Stationen... Äh... 100% Gewinn. Wenn's an mir ginge... Und wir hätten... Sehr viel Kohle... Dann würde ich das hier alles weg terraformen. Weil Herdorf liegt hier echt beschissen an diesem Ding. Mann, Herdorf, ey. Äh... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Dekoration, auch schön. Bäume pflanzen. Nice. Ja, ich hoffe, das geht. Wenn ich die Gleise hier hinsetze... Wie gesagt, ich hab's noch nie gespielt. Wir müssen das mal ausprobieren. Hier bräuchten wir... Das muss noch weitergehen. Terraforming reicht noch nicht in der Form. Dann müssen wir halt hier... Hier... Mach ich mal so hier. Zack. Ähm... Station. Ah, ja, ja, ja. Hallo. Das langt hier locker, ne? Herrdorf. 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 25.000. Easy. Herrdorf Süd. Jetzt muss ich nur gucken... Äh... Jetzt muss ich nur gucken. Sieht aus wie Stuttgart 21. Jetzt muss ich nur gucken. Wir müssen wahrscheinlich mit den Dingens... Mit den Gleisen auch eine Kurve gehen, ne? Kann ich mit der Straße ne Brücke über die Gleise bauen? Ob das geht? Tschüss. Dördorf Warming... Ist ne super Säche. Äh... Ne, so. Gleise brauchen also zwei. Hä, warum geht das nicht? Achso, weil ich doof bin. Ja, deswegen. Mal wieder. Das geht. Und dann würde ich nämlich hier irgendwie... Oh Gott, das wird teuer. Oh, das wird richtig teuer, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen übernommen, oder? Wo ist denn... Huch, wo ist denn die Stadt? Ach, da. Haben wir uns ein bisschen übernommen? Ist das noch zu weit entfernt für unser kleines Mini-Budget, was wir hier haben? Mhm, Gleise werden also nicht so gebaut wie Straßen. Schön. Hä? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ah... Ah... Da ging es auf einmal mit dem Kreis... Wann... Dann machen wir so, ne? Oh, das wird echt teuer. Das wird echt teuer. Jetzt hier noch ein schönes Sträßlein rüber. Keine Brücke, was? Kann ich hier nicht bauen? Da muss eine Brücke rüber gehen. Ich hab mich voll gefreut. Das sehe voll cool aus, oder? Mit B kannst du Brücken bauen. Ach so. Ja, okay. Ja, okay. Ach so, ah... Ach so, ach so, ach so. Hab ich gar nicht gesehen von da vorne. So. Da kann ich noch ein bisschen später bauen, ne? Warum geht das hier nicht? War das zu früh? Ah... Eine Rückgängigtaste wäre schön. Eigentlich würde ich sie nicht abreißen. Eigentlich finde ich sie ja cool. Kann ich hier nicht bauen. Ah... Kein Platz für die Träger. Naja, der braucht keine Träger. Da ist ein Gleis drunter. Das ist nur noch easy. Okay. Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich vorher schon... Okay. Ja, das geht offenbar nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch einen hoch, oder? Nicht hoch genug. Kein Platz für die Züge. Ach, Quatsch. Brücke höher und ist manchmal frickelig. Ja... Ja, nun. Jetzt muss ich aber hier noch. Das kostet mich dann auch wieder. Ach, das ist alles so teuer. Hab ich ja nicht. Kann ich nicht bauen. Also, das muss jetzt aber gehen, oder? Das sieht aber schön aus. Na gut. Na gut. Gut. Eigentlich hätten wir uns das alles sparen können. Aber ich wollte wissen, wie es geht. Ich wollte ja wissen, wie es geht. So. So, 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 so. So, so, so. Okay. Das hier... Ah, gucken wir mal nicht hin. Was kannst du eigentlich? Okay. Dann würde ich sagen, terraformen wir nochmal ganz kurz hier. Nein, das will nicht. Hä? Warum geht's nicht? Jetzt geht's. Okay. Und dann Gleise verlegen. Das Problem ist nur, dass der Wald halt echt noch schäbig weit weg ist. Oh, okay, warte. Ich mach wirklich mal mehr Geschwindigkeit. Wir bauen da später weiter, wenn wir ein bisschen Geld verdient haben, weil das wird, glaube ich, noch teuer. Bis da hinzukommen, da noch einen Bahnhof zu bauen und so. Ich würde wahnsinnig gerne diesen Bahnhof bauen, aber wir müssen erst mal Geld verdienen. Mit Brummbrums, wie es aussieht. Und sonst so bei euch? Ich baue eine Straße vom Wald zum Bahnhof. Ich glaube, also da müsste ich wieder ein Lager bauen für LKWs. Oh, süß mit den Wolken hier. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, und die Straße wäre halt auch teuer. Und ich würde ja gerne einen Zug haben, weil die Strecke relativ weit entfernt ist, so wie hier. Hier wäre mir auch ein Zug eigentlich lieber. Hier geht's. Naja, hier ist auch teuer. Ähm, ja. Wir machen wieder Plusgrad. Habe mir Piercings an der Hüfte stechen lassen. Tut etwas weh, hat sich mit dem Dator aber gelohnt. Piercings an der Hüfte? Rundsbütteln akzeptiert ist weniger Holz. Ich habe da nie was hingeliefert. Lass mich in Ruhe. Da ist Kohle. In Gehlenhausen brauchen wir Kohle. Da drüben ist Kohle. Ein Zug wäre schön. Da ist nochmal Holz. Aber vielleicht, ähm... Wofür Piercings an der Hüfte? Das Warum brauchst du gar nicht stellen? Ähm, weil Leute das auch noch mögen. Warum machen Leute sich Totos? Weil sie es mögen. Kann immer sehr cool aussehen, kommt aber immer drauf an natürlich. Und ist immer Geschmackssache. So, Gehlenhausen braucht Kohle. Wir haben da oben Kohle, aber ich kann hier erstmal nur... Also ich kann mir erstmal, glaube ich, nur Busse leisten, ne? Das mit den Zügen war zu früh. Glaube ich. Ja, oder weil sie kriminell sind. Leute machen sich Piercings, weil sie kriminell sind. Das ist richtig. Lala. Juppeidi. Juppeida. Fluttership, danke schön. Ich kann es leider nicht lesen. Äh, es ist echt klein. Kaputt? Begatt? Kaputt? Entschuldigung. Oh, warte mal. Jetzt hat man mich nicht husten gehört, hoffe ich. Muss mir auch jedes Mal die Frage anhören, warum ich ein Rezeptum habe. Warum haben Leute die und die Frisur? Warum haben Leute die und die Klamotten? Weil es gefällt. Weil Leute sich selbst ausdrücken. Ja, wir sind im Radl da. Ja, wir sind im Radl da. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wir sind im Radl da. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum. Jetzt, ja. Hm. Wo genau pierst man an der Hüfte? Das war, das ist meine Frage gewesen. Das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Die schönste Frage, die ich je gehört habe, warum trägst du eine Brille? Siehst du schlecht. Ich krieg in letzter Zeit, also in letzter Zeit öfter, ne, also nicht so oft, weil Leute sprechen eigentlich so oft drauf an, aber man kriegt öfter mal die Frage gestellt, ob das eine Modebrille ist. Brille mit Ü. Eine Modebrille. Aber wahrscheinlich ist das normal. Herdorf akzeptiert es weniger Holz. Fick die, Herdorf, ihr habt ja jetzt mal reingebaut. Nachfrage gesunken. Mann, ich hab hier gerade, ich mach doch da, ich kann doch nicht alles auf einmal. Mann, Herdorf. Du alter Kackladen. Niemand mag Herdorf. Außer Leute, die aus unerfindlichen Gründen in Herdorf wohnen. So, Big Daddy, auch dir vielen Dank. Hallo, lieber Erik, das kann ich lesen. Hoffe, du ho... Oh, Brühl ist eine Stadt. Warte ganz kurz. Bitte nicht böse sagen, wenn ich das nicht lesen kann. Ähm. Weil ich hab nur ein ganz kleines Priviefenster rechts. Und da kann ich die kleinen Einblendungen unten nicht lesen. Wer war in der Stadt? Brühl, war das Brühl? Brühl ist eine Stadt geworden. Ja, man glaubt es gar nicht. Traut man Brühl gar nicht zu, ne? Bevölkerung steigt. Ja, nice. Vielleicht kommen ja später noch Passagiere dazu im Update oder so. Also, dass man so Busse, Passagierbusse und sowas machen kann. Oder vielleicht gibt's das ja auch schon. Wir können's aber noch nicht machen. Ne, Busse haben wir nicht freigestellt. Wir haben nur LKWs bisher. So, was machen wir mit Herdorf? Wann ist Release von diesem Game? Das weiß ich nicht. Aber man kann's ja jetzt schon spielen. Die Haut wird ein wenig aufgeschnitten. Dann bekommt man eine Platte unter die Haut, auf die man eine Kugel setzen kann. So kann man sich überall piercen lassen. Uh, okay. Dann kann ich mir also endlich meine Po-Backen zusammen tackern. Ein Zug, Pferd, Holz holen. Ich zieh durch, Junge. Ich zieh durch. Bis hier hin. Ja, geht nicht anders. Wir müssen zweimal nach oben. Passagiere sind noch nicht enthalten. Komm noch. Ja, nice. Da freu ich mich drauf. Hier müssen wir noch nach oben. Und es wäre unklug. Es wäre unklug. K-L-U-K. Boom, boom, boom. Ich würde gern ein Vorher da rein. Und ich möchte gerne nicht, dass es da hoch geht, weil ich... Ist ja egal. Ähm. Äh. Ha, 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 ha. So. Eine Schneise für die Gleise. Welch wunderbare Reise. Station. 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 Okay, wenn ich jetzt hier direkt in den Wald reinbaue, wird es dann weniger Holz. Nö. Der Märchenwald wird abgeholzt. Mh. Der Märchenwald war immer stolz. Mh. Die Großstadt, die braucht Platz. Holt die Panzer. Fahrt über die gestiefelte Katz. Entschuldigung. So. Schattenwald. Schattenwald hätte man auch machen können. Aber ich fand es schöner, wenn der Märchenwald abgeholzt wird. So. Ähm. Wenn ich jetzt... Peter! Wenn ich jetzt, äh, hier... ...ein Zugdepot hinbaue. Ah ja. Das kann ich ja nicht einfach... Oh, ja, ja, ja. Hier. Na hallo, Zugdepot. Kann ich auch so? Ja, ne? Da wir nur einen Zug erstmal haben, brauchen wir noch keine Lichterchen. Nehme ich an. Werden später mehrere Züge fahren, musst du doch nicht alles zweigleisig machen. Äh, nein, du kannst natürlich auch mit Signalen arbeiten. Aber da musst du natürlich gucken, dass die Züge sich irgendwo dann... Ne, so. So. Okay. Wir haben... Wir bauen unseren ersten Zug. Wir sind einfach in Vorleistung gegangen. Haben wir einfach gemacht. Scheiß drauf. Oh, hallo. Leistung 500 Kilowatt. Der hier ist natürlich teurer, aber ganz ehrlich, den nehmen wir. Der ist schneller. Auf Dauer bringt das mehr. 70 kmh. Und vor allem die Leistung 500 Kilowatt. Auch berghoch kommt der besser. Länge 25 Meter. Maximalgewicht 90 Tonnen. Okay, ich würde mir vorher... Die Information würde ich mir gerne vorher schon angucken können. Das hier. Beschleunigung ist hier höher. Ja, das ist ein bisschen störend noch. Aber wie gesagt, das ist alles noch pre-Alpha. Ähm. Vor allen Dingen so mit Tooltips wäre das natürlich ganz nice. So. Ich kauf den mal jetzt hier. Zug 1. Äh. Und wir brauchen aber noch Kastenwagen. Ne. Was braucht man denn bei Holz? Ein Rungenwagen. Ja, ne? Holz. Ja. Rungenwagen. Auf das Plus achten. So, ich vergesse... Ich vergesse tatsächlich immer hier. Das Ding vergesse ich immer. Nicht genug Energie? Habe ich was? Nicht genug Energie? Aber ich kauf doch mit Geld, nicht mit Energie. Oh, okay. Ah, das ist... Ah, das ist klar. Okay. Ja, da muss man erst mal reinkommen. Ein bisschen Fahrzeug folgen. Nö, nächsten Auftrag überspringen. Der ist ja schon im Depot. Umbenennen. Hupen. Geht nicht. Signale ignorieren. Hoppla. Äh. Wo kann ich ihn editieren? Das ist ja doof. Ah, ich hätte Plus machen sollen, ne? Ah, cool. Okay. Ähm. Wo kann ich ihn denn jetzt editieren? Fahrzeug folgen? Mitfahren? Oder muss ich einmal wieder zum Depot fahren? Dein Geld ist gleich leer. Nein, nein, nein. Alles gut. Ah. Bin doof. Deswegen auch nicht genug Energie. So, Rungenwagen für Holz. Äh, jetzt können wir hier Änderungen machen. Was ist das hier? Zwei Einheiten ausgewählt. Abwählen. Okay. Änderungen anwenden. So. Äh, wo war ich nochmal? Äh. Äh. Also wir brauchen jetzt einen Zug, der den Märchenwald abholzt. Ne? Das brauchen wir gerade. Wir brauchen einen Zug, der den Märchenwald abholzt. Achso, ja klar. Ach komm, wir machen das mal. Ich muss mich aber eilen. Ich hab nicht so viel Zeit. So, den Knopf. Vollständig beladen. Im Märchenwald. Und dann entladen in Herdorf-Süd. Fies, dass man so unter Zeitdruck steht, ne? Fahre zum Märchenwald. Huch. Oh Mist. Nein. Ich will weiter folgen dürfen. Oh, mir fällt gerade was ein. Oh. 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 Erstens, wir brauchen einen Holzfäller. Und zweitens, ich weiß natürlich nicht, ob der Zug einfach so hier umdrehen kann oder ob der eine Schlaufe auch noch braucht. Oh, daran hab ich nicht gedacht. Ich baue ja gerade wie ein Railroad-Tycoon, dass ich einfach hier und dann dreht er einfach da um. Boah, Railroad-Tycoon 3 können wir irgendwann auch mal im Stream spielen. Das hab ich so gerne gespielt. Ähm. Verdammt. Hab ich auch noch als Fäller vergessen. Den muss ich aber hier nicht dran bauen, den kann ich einfach so hier irgendwo bauen, ne? Und dann brauche ich vielleicht auch ein Lagerhaus. Jetzt wird die Kohle langsam knapp. Wenn du das so eingestellt hast, dreht er sich auf der Stelle. Okay, das wäre gut. Das wäre sehr gut. Ja, er kriegt Holz. Er kriegt Holz. Er kriegt Holz. Ja, geht. Gott sei Dank. Schwein gehabt. Und jetzt wird er der Brücke durch. Die völlig sinnlose Brücke, die aber doch irgendwie cool aussieht, wenn auch ein bisschen falsch. Aber uuuh. Ah. Oh, ist das schön. Warte, ich fahr nochmal zum Märchenwald wieder hin. Einfach nur, weil es geht. Brühl akzeptiert jetzt Kohle. Ja, gut für dich, Brühl. So. Okay. Joix, das Setup ist noch nicht abgeschlossen. Ist alles angeschlossen, aber ich habe das Setup am Mischpult noch gar nicht eingestellt. Aber ich freue mich, dass es viel besser klingt. Da freue ich mich tatsächlich. Brühl mich nicht so an. Kennst du den Stay Forever Podcast? Jawohl, ich unterstütze ihn auf Patreon. Und er ist sehr gut. Er ist sehr, sehr gut. Und sehr viel professioneller als unser Podcast, wenn wir ehrlich sind. So, was wir nicht vergessen dürfen. Erstens mache ich über Plus, weil ich habe ja auch Instandhaltungskosten, Emelshausen. Mache ich über Plus? Auf lange Sicht? Wir müssen das erstmal beobachten. Wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben. Verkaufst du ein altes Stream Deck? Äh, also aktuell ist da noch nichts geplant, tatsächlich. Da habe ich noch nichts geplant. Versorge Herdorf mit Holz. Hä, aber da ist doch... Hä? Aber... Aber... Verhindert Schließung von Geschäften. 2 von 170 im Lager. 48,85 geliefert in den letzten 30 Tagen. Ist das zu wenig? Brauchen wir mehr Holz an der Lokomotive? Wir brauchen vielleicht noch einen Anhänger, ne? Sehr hohe Nachfrage. Ist auf hohe Nachfrage gesunken. Also, könnte klappen. Oh, der Oskar Kolliker. Ist der immer noch an der Macht? Achso, im Kesselhaus. Okay. Der war früher mal Bürgermeister. Deswegen war ich gerade ein bisschen aufgebracht. Ganz kurz, als ich es gesehen habe. Oskar Kolliker. Da kommt nichts Gutes bei raus. Execo, danke schon für fünf Giftsabs. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Gelbe Namen sind die Donator. Achso. Aber vorhin war doch dieser 2000er-Name. Der müsste auch ein gelber Name gewesen sein, eigentlich. So. Fast 85. Ich glaube, wir können es hinkriegen. Und wir laufen im Plus. Wir laufen im Plus. Der Zug ist so schnell, weil wir gerade ein bisschen schneller spielen hier. Also, ich habe ein bisschen höher geschaltet, die Geschwindigkeit. Jetzt würde ich jetzt mal gucken. 80, 85. Ich hoffe, wir schaffen das. Sonst muss ich wirklich noch einen Wagen dranhängen. Ich will auf keinen Fall, dass das Ding hier schließt. Trend, Stillstand. Das müssen wir beheben. Schließt. Jetzt. Okay. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. 96, 85. Ich glaube, das muss jetzt genug sein. Muss ich die Schließung jetzt verhindern? Nee, ne? Das müsste ja eigentlich automatisch passieren. Wenn ich das... Kann ich das kaufen damit? Weil das gehört momentan Oscar Colica. Aber kann ich selber auch das Kessel daraus kaufen? Wenn die kurz vor der Schließung sind? Ein weiterer Anhänger würde trotzdem nicht schaden. Ich will es nicht überliefern. 80, 85. Wir haben... Das läuft. Das läuft schon ganz gut. Das ist schon okay so. Ich will nicht zu viel liefern, weil sonst die Nachfrage sinkt und damit auch der Preis. Wie man sieht, der Preis sind jetzt schon. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Bevölkerung. Herdorf wird wachsen. Die Überlieferung. So. Im Lager ist nichts, das macht nichts. Wenn nichts im Lager ist, solange wir das hier schaffen, ist das doch gut. Wenn im Lager zu viel drin ist, dann nehmen die ja nichts mehr an. Weißt du, was ich meine? Ist doch gut, wenn das Lager immer wieder auf Null läuft, dann halten wir die Preise vielleicht einigermaßen. Guck mal, die sinken jetzt schon wieder. Von 300 auf 284. Die Preise sinken. Wir müssen das hinkriegen? Glaube ich. Was passiert, wenn ich die Schließung verhindere? Gehört uns an die Bude? Können wir damit Geld verdienen? Wir haben es geschafft. Bankrott vermieden. Wir haben es geschafft. Hm. Ne, der Preis, es ist wie bei jeder Wirtschaft. Der Preis sinkt immer. Je mehr Holz wir dahin liefern, desto mehr sinkt der Preis. Weil je mehr Holz da ist, desto weniger brauchen die und desto weniger zahlen die. Deswegen machen wir es wie die Großindustrie mit einer künstlichen Verknappung. Einfach die Preise hochtreiben. So, wieder was gelernt. Kapitalistenschwein AG. So, machen wir es. Toll. Die Stadt erweitert sich. Ja, hier hat ein bisschen, hier kam ein Stück Straße dazu, ne? Aber weißt du was, Tobi, du kannst echt mal die Fresse halten. Weißt du, warum, warum kommen die alle hier rein und mobben mich immer? Ich bin so ein armer Pöks. Ich tu mir richtig selbst leid. Nein, äh. Tobi, ich hab mich gestern voll gefreut über deinen Raum und über deine riesige Webcam, wo immer das Zimmer zu sehen ist. Ganz klein in der Mitte, Tobi, aber das Zimmer, so. Achso, sieht man hier gar nicht, weil ich ne kleine Webcam habe. Hab mich aber wirklich gefreut. Ich freu mich immer sehr. Ich hab das Einweihungsvideo vom Kämmerchen, hab ich auch gesehen. So, ich setz mich mal eben anders hin. Ähm. So. Du bist der Mobber, der anfängt. Hä? Ich sitze hier einfach und der Tobi kommt rein und sagt, Wirtschaft. Und macht sich wieder aber die Sprachfehler, die Sprachbehinderungen, ja? Seine Mitmenschen macht er sich wieder lustig. Dieser herzlose Bastardo. Wieso ist deine Webcam so klein? Ich, das ist ne 1 zu 1 Größe. Ich bin wirklich so klein, wie ich hier grad zu sehen bin. Das ist alles 1 zu 1. Ne, aber ich hab die eigentlich so klein, weil, ganz ehrlich, was muss man denn hier sehen? Das Lager sinkt schnell auf 0, ist doch gut. Ist doch gut. Oder? Und Tobi, guck mal, das hier ist das Bügelmikrofon. Huch. Ohne Kopfhörer, mit Kopfhörer. Kannst du ja einfach, ne, Kopfhörer, wie du willst, Mikrofon. Super. Sag Bescheid, wenn du es mal ausprobieren willst. Ich bin grad eh Dauerkunde bei Thomann gewesen. Was, er schiebt die Maus immer mit dem ganzen Körper über die Matte? Was? Darlehen tilgen. Können wir auch bald, ja, können wir eigentlich inzwischen mal machen, ne? Ein bisschen Darlehen tilgen, weil wir eh quatschen hier die ganze Zeit. Tilge, 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 Schweiger. Oh. Wirtschaftszweig. Ja, geht auch. Wirtschaftszweig, das stimmt. Ne, das ist ein separates Mikro. Das ist ein separates Mikro, äh, unabhängig von den Kopfhörern. Der Kopfhörer selber ist eigentlich auch ein Headset. Hallo, hallo, hallo. Aber nutz ich nicht als solches. Etwas größere Cam wäre schon cool. Soll ich die Cam vergrößern? Ich dachte mir, ihr wollt möglichst viel vom Spiel sehen. Weil ich bin nicht so wichtig. Fischschaum. Ist das so, ist das so, so, so besser? Ich weiß, der Mann in der Webcam stört, aber ihr wollt die Webcam sehen. Nicht den Typen da drin, nur die Webcam. Darum geht's euch. Das weiß ich schon. Das ist okay. Du verlierst wieder massig Geld? Nein, ich gewinne massig Geld. Ich hab grad nur Darlehen bezahlt. Das hier unten ist der letzte Monat. Das ist nicht die aktuelle Zahl. Das wird jetzt ein bisschen sinken zwischendurch, aber dann steigt es wieder. Also keine Sorge, wir verlieren kein Geld. Wir verdienen schon Geld. Wir haben grad nur das Darlehen bezahlt. Huch, Spielanstaltung. Wollte ich gar nicht. So, hier gucke. Wir machen, da haben wir Darlehen bezahlt. Sonstiges. 67.000. Damit wir die Kreditzinsen loswerden. Brunsbüttel mit Holz. Brunsbüttel ist mir egal. Holz, da Brunsbüttel. Ich bitte dich, Brunsbüttel. Ähm, Kohle. Nach Gehlenhausen muss man Kohle bringen. Aber wir fangen das nächste Mal, wir fangen das nächste Mal hier an. Darüber. Die Städte schon verbinden. Haben wir schon gemacht. Wir haben hier schon, äh, hier schon verbunden. Brunsbüttel mit Brühl. Äh, und jetzt müssen wir einfach noch gucken. Guck mal, die bauen hier schon weiter. Hier. Wie bei Transportacue. Die bauen immer beschissene Straßen, wenn man die selber lässt. Kohle nach Brühl wäre einfacher. Aber, ach ja, Brühl nimmt ja jetzt auch Kohle an. Ja. 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 Aber dann brauchen wir, dann brauchen wir. Warum hört man denn da Maus so exzessiv laut? Wegen dem Mikrofon. Und die Kamera. Äh, die Tastatur. Die Kamera. Ich hab das gerade gelesen. Kamera. Hier so. Kohle. 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 Die coole Kohle. Okay, wie bauen wir den Bahnhof? Ja, warte mal. Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser. Die ist ein bisschen laut bei euch, ne? Vielleicht mach ich die Musik auch mal. Ich glaub, so ist besser. Kohleausstieg jetzt? Ja, nee. Wir werden doch hier subventioniert. Milliarde vom Staat. Let's go. Kohle, Kohle. Go, go. Hm. So. Gobel. Dankeschön, lieber Gobel. Mein Täter. Grong. Baus. What? Es ist ganz winzig. Ich brauch echt, uah. Ich brauch echt andere Monitore. Ich brauche neue. Ich hab momentan nur zwei Screens im Betrieb. Ich weiß, wie der Tobi das macht. Ich seh halt die, ne? Die Einblendung seh ich leider nicht. Ist das 16 zu 9 mit 4 zu 3 Ausgabe? Ja, ich hab das zusammengequetscht. Eigentlich bin ich viel breiter. Ich hab eigentlich so ein richtiges, so ein richtiges M&M Gesicht Horizontalformat. OT3D. Dankeschön, lieber OT3D. Okay. Okay. Ähm. Hm. Kriegt Tobi auch ein Festgehalt? Also bei uns kriegt alle ein Festgehalt außer Tobi. Beim Tobi wird immer eine gewisse Mobbing-Pauschale abgezogen. So. Herdorf akzeptiert mehr Holz. Ja. Sehr gut. Okay. Ähm. Versorge Gehlenhausen mit Kohle, um eine Schließung zu verhindern. Äh. Okay. Ja, kann ich nicht verhindern. Gehlenhausen ist zu weit weg. Ich würde dann tatsächlich erstmal hier rumbauen. Tobi bekommt Pfandgeld. Ähm. Komm, wir probieren mal. Wir verausgaben uns mal wieder, oder? Verausgaben uns mal wieder. Industrie, Ressourcengewinnung. Kohlemine. Ich hoffe, die geht hier auch. Ich hoffe, das ist okay. Wir können hier sogar zwei Kohleminen hinbauen, glaube ich, ne? Mach mal so. So. Finde ich gemein, Tobi Gehalt abzuziehen, wenn du ihn mobbst, Gronk. Das ist doch Mobbing. Ne, das ist ja einfach so, wenn ich Tobi mobbe, ja, dann ist das ja, ich bezahle ihn mit meiner Reichweite, wenn ich ihn erwähne. Hahahaha. Entschuldigung. Ähm. Ähm. So. Ich mach mal hier weiter. Gut. Mach schon Platz, ich bin der Landfuhr. Oh, Scheibenwitscher, danke schön, Scheibenwitscher. Ich kann's immer noch nicht lesen. Entschuldigung. Äh, wild, wild. Datingportal. Irgendwas mit Datingportal. Irgendwas mit Dating, ich hab irgendwas mit Datingportal gelesen. Das ist wieder die entscheidende Info, die ich mitkriege. Den Rest wieder nicht. Ach, warte mal, ich brauch gar nichts da so direkt dran zu bauen, ne? Ich kann hier auch, glaub ich, mit den Gleisen einfach, das reicht ja, wenn ich hier so baue, ne? Wenn ich hier nicht so lange gucken würde, fänd ich, das ist eklig. So, warte, warte. Ah, Brühl. Willst du viel, spül mit Brühl. Oh, ist das alles teuer. Das ist noch teurer, ne? Warte. Halt. Oh, das geht nicht. Mh, schade. Oh, warum geht das denn nicht? Lass erst mal ein Faxe aufmachen. Wat? Äh. Das ist alles sehr teuer. Brühl akzeptiert mehr Eisenerz. Sehr gut. Ähm. Und jetzt müssten wir hier natürlich noch irgendwie, da kommt ja die Kohle hin. So, Stationen. Oh nein. Die Station ist zu groß. Brühlst du mir einen Kaffee? Oh Gott. Manchmal bin ich den Chat lesen, ne? Da bin ich sehr verzweifelt. Da bin ich sehr verzweifelt. So. So. Wir fahren nochmal nach Fettkohle machen. Und hier muss ich, glaube ich, jetzt... Äh. Machen wir mal so. Und dann Station. So. Oh Gott. Ich kann... Ich darf den Chat gerade nicht lesen. Das ist ja f***bar. Diese Brühlwitze, ne? Ihr seid richtige Brühlwürfel. Okay. Ähm. Mach wieder so. Hier ist ja eh nur ein Zug. Insofern ist es egal. Ähm. Und jetzt brauchen wir noch Geld für den Zug. Jetzt muss ich sparen. Jetzt muss ich ein bisschen sparen. Aber wir kriegen gleich Kohle, Kohle, Kohle. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein. Raus, raus. Das ist einfach... Das ist einfach... Die Vergangenheit schmerzt. Ähm. Wie sieht es denn hier aus mit dem Ding hier? 260 im Lager. 80 von 130. Das heißt, wir können den Zug... Ah, die Preise steigen. Hohe Nachfrage. Schaffen wir die 130? Da bin ich mich gar nicht so sicher, ob wir die schaffen. Vielleicht braucht dieser Zug noch einen Anhänger. So wie Jesus. Jesus hatte damals zwölf Anhänger. Ähm. Elf? Zwölf? Auf jeden Fall. Da war die Nachfrage natürlich auch sehr groß bei Jesus. Elf Anhänger. Okay. War das nicht zwölf? War der nicht noch... Der Moralapostel? War der nicht auch dabei? Zwölf, ne? Zwölf ist richtig. Gut. Ja. Der Jesus hat ja auch delivered. Der brauchte halt seine zwölf Anhänger. Elf Gebote, zwölf Anhänger. So rum. Gut. 80 von 130. Na, wir gucken mal. Da sinkt der Preis wieder. Das sehe ich nicht. Okay, pass auf. Wir fahren mal mit dir ins Depot. Wo ist denn hier? Depot. Okay. Im Depot. Im Depot. Werde ich froh. So, ab zum Märchenwald. Jetzt wird weitergeholzt. So. Depot 2. Kaufen. Erstmal. Schön fetten Zug. Ach ja, ich hab vergessen. Ähm. Wow, wir sind fast pleite. Zehn Gebote. Es gab noch ein Bonusgebot. Da gab's ja noch ein Bonusgebot. Das haben sie aber nachträglich aus der Bibel gestrichen. Das hieß, du sollst nicht scheiße sein. Aber das wollten die dann nicht. Wegen Mittelalter. Haben die das wieder rausgenommen. So. Runenwagen. 29.000. Gleich haben wir's. Ja, ich glaube, den schmeißen wir wieder weg. Vielleicht nehmen wir mal keinen Runenwagen. Vielleicht nehmen wir mal einen offenen Wagen. Also wirklich. Das hättet ihr wirklich mal bemerken können. So. Okay. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Das ist gut. Kennt man ja von zu Hause. Und dann machen wir vollständig beladen in Fettkohle machen. und ein Entladen in Brühlendort. Eigentlich könnte man vollständig entladen, aber... Ich glaube, das geht. So. Den nehmen wir jetzt natürlich, äh... Ähm... Umbenennen. Der Pferd noch Fettkohle machen. Der Pferd nach Fettkohle machen. Achso. Wie nennen wir den denn mal? Fettkohle machen. Nenn ihn Gronkh. Toll, äh, toll, danke. Finanzamt wäre schön, aber dann... verliert man ja eigentlich Kohle. Ähm... Ähm... Hier. Das ist der Twitch-Express. So. Fettkohle machen. Und dann fährt er hier nach, ähm... Zuschauer-Demütigung. Warte, das hört sich an, als wären Zuschauer gedemütigt. Aber die demütigen ja immer. Zuschauer-Mobbing. So. Das ist... Das ist immer der... Das ist immer die... Die Twitch-Balance, weißt du? Das ist immer die Twitch-Balance. Oh! Oh, das gefällt mir viel besser. Oh, das gefällt mir... Ja, das gefällt mir viel besser. Den nenne ich nicht Twitch-Express. Das ist toll. Das ist der... Subtrain. Das ist der Subtrain natürlich. Ja, Mann. Oh, schön. Schön. Finde ich gut. Dafür der Subtrain. Brunsbüttel akzeptiert kein Holz mehr. Ja, aber Brunsbüttel war das nicht hier unten, oder ist das unser Ding da unten? Warte mal. Ne, Herdorf hatten wir. Gut. Brunsbüttel haben wir kein Holzchen geliefert. Das war hier. Oh, wir haben doch keine Angst. So. Subtrain. Subtrain. So, ganz kurz mal eben gucken. Kohle, sehr hohe Nachfrage. Hier wird geliefert. Oh, wir sind schon wieder bei 78.000. Langsam läuft's. Wir müssen mal bald Schulden abbezahlen. Warte. Es ist aber so doof. Es ist so doof. Ich hab's grad im Chat gelesen. Ich, äh, konnte nicht anders. Ich konnte einmal nicht anders. So. Prima. Da fährt der Subtrain zwischen. Twitch Prime ist kostenlos für euch, ja. Äh. Kostet euch nix, außer natürlich Twitch Prime. Und, äh, let's go. So. Äh. Ach, die Post kann ich nicht immer nennen. Ich wollte das grad Rechtfertigung nennen. So, schön. Prime Abo ist da. Sehr gut, sehr gut. Ah, schön. Das ist so doof. Ähm. Gut. Ähm. Was mit dem Eisenerz? Ach, Gelenhausen. Oh, schade. Gelenhausen hätt ich gern Kohle hingeliefert. Ah, doof. Aber. So, die kriegen jetzt Kohle. 112 geliefert. Sehr gut. 115 von 160. Hohe Nachfrage. Ich koch, wenn das läuft. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Und hier müsste jetzt auch laufen, ne? Oh. Barnley Ironheart. Vielen Dank für 10, ich glaube 10 Subs, ne? Waren's 10? Ich kann's gar nicht sehen gerade. Lieber Barnley, dankeschön. Lieber Barnley. Merci beaucoup. So. Sie spielen seit 4 Stunden. Ich mache mir nur Sorgen um ihre Gesundheit. Keine Sorge, 4 Stunden ist ja nischt. Das ist ja nischt. Mittlere Nachfrage. Oh, der Preis sinkt aber. Wir haben den dritten Dingens. 144 von 130. Mal gucken, ob da noch was wächst. Set's what she said. So. Ach je, der gute Gronkh. Das mit dem Sellout funktioniert immer noch nicht so recht flüssig. Ja, ich bemühe mich aber. Ich bemühe mich. So. Das ist meine Lieblingsstation. Die werde ich jetzt immer hier. Hier werde ich jetzt immer die Kamera drauf lassen. So, warte. Ähm. Läuft inzwischen, ne? Wir tilgen mal ein bisschen. Aktives Darlehen. Schau. So viel weghauen wie möglich. Dann, weil ich glaube. Steigt das Darlehen eventuell? Wie der Zug sich umdreht. Kannst du aber auch einstellen bei den Optionen. So. Das kannst du einstellen. Also du kannst einstellen, dass du hier natürlich dann die Strecke entsprechend dann da rum vielleicht machst. Und hier hast du so einen Kreislauf. Oder der geht dann da hinten irgendwo rum. Oder sonst irgendwas. Wie es dir passt. Ich hab's jetzt einfach mal ganz billig eingestellt. Auf normal. So. Weise Rolli eben. So. Hohe Nachfrage. Ich weiß nicht genau, wo. Ah. Übrigens. Ne, warte. Moment. Äh. Eisenerz. 65 bis 120. Stillstand. Oh, da ist wieder Stillstand. Oh, 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 oh. Wir brauchen hier unten noch mehr LKWs. Da komm ich mit dem Zug nicht hin. Ich könnte natürlich jetzt von hier aus noch eine Eisenbahnstrecke. Hier. Und da müssten wir Lichter, aber... Willst du mich verarschen? Holzträger. Äh. 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 Was soll ich denn die jetzt? Was ist denn mit denen? Hey, was ist denn... Holzträger herstellen? Toll. Aber wo? Die müsste ich da oben herstellen und dann nach unten transportieren, ne? Wie ist denn das? Wenn ich jetzt irgendwo eine Holzfabrik bauen würde, akzeptiert die Stadt doch dann automatisch Holz, oder? Verarbeitung. Ah ja, da war ja noch was. Wir müssen ja noch forschen. Habe ich vergessen. Ist das deine Sexpuppe im Hintergrund? Diese Frage möchte dir gerne Tobinator beantworten. Das möchte dir gerne der Tobinator beantworten. Es ist unser Co-Moderator von der E3, äh, der uns von Tobinator gebraucht zur Verfügung gestellt wurde. Gebraucht. Geschunden quasi. Wir haben den in einer nächtlichen Rettungsaktion bei ihm rausgeholt. Ähm. Jetzt ist die Frage. Hier bringen wir Holz hin. Kann ich denn da jetzt auch theoretisch... Ah ja, Verarbeitung geht ja. Wir müssen erstmal ein Labor bauen. 91, die werden immer teurer. Uff. Äh, okay. Ich baue mein Labor hier hin. Warum ist... Warum hat das ein Einzugsgebiet, das Labor? Wenn ich das jetzt hier hin baue, geht das nicht, weil da ist natürlich ein Haus, ein Kohlehaus. Da ist gerade ein Haus gekommen. Muss ich beim Labor was anliefern? Braucht das Labor irgendwelche... Rohstoffe? Weil das möchte ich nicht. Ich möchte da keine Rohstoffe hinliefern. Welche Rohstoffe braucht das Labor? Wir können mal spaßeshalber eins bauen und uns dann ärgern, dass es da steht. Wäre mein Vorschlag jetzt. Das macht die Menschen vielleicht besser. Die Menschen machen nichts mehr besser. Ähm. Ah ja, es braucht Rohstoffe. Ich sehe schon. Neue Forschung starten. Alles klar? Alles klar? Fertigung. Grundlagenforschung. Förderband. Verbinder. Förderbrücke. Untergrund. Untergrundförderband. Dat ist mein Ding. Eisenverhüttung, Holzverarbeitung. Alles klar, wir starten hier. 67.000, kein Problem. Die zahlen wir aus der Portokasse. Leider ist die gerade nicht voll genug. Ja, Mensch. Forschung. Dat ist ein teures Hobby. Kannst du Waren vom Zug auf LKWs umladen und umgekehrt? Das geht bestimmt mit Lagerhäusern. Es gibt Lagerhäuser, da kannst du dann Sachen abladen. Die landen in bestimmten Lagernhäusern und da kannst du wahrscheinlich auf den Zug aufladen. Ich glaube, das geht schon. Krasser Umfang für eine Tech-Demo. Das glaube ich auch. Das, äh, ja. So, jetzt können wir. Forschung starten. 20 Tage. Let's go. Äh. 0 von 20 abgeschlossen. Verfügbar in Warenhäusern, 72K. 29, 22. 3,3. Das geht immer dann abgezogen. Wird abgezogen, ne? Ja, das wird immer abgezogen. Alles klar. Labor 1. Kann ich das auch umbenennen? Ach, der Jonathan ist hier natürlich wieder. Huch. Copy Chimp. Dankeschön für den Giftsabs. Dankeschön, lieber Copy Chimp. Merci. Labor umbenennen geht leider nicht. Ich wollte es gerade Fresenius-Institut nennen, aber es geht leider nicht. La, na, na, na. Ba, ba, dum. Ba, da, 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 da. Wieso nicht Tech-Demo? Das Game ist doch inzwischen Early Access. Soweit ich weiß nicht. Also auf der, auf der H.I.O.-Seite stand da nichts von. Da stand, das kommt erst noch. Juuuut. Garage kann ich umbenennen. Sehe ich gerade nicht, dass ich das kann. Also ich wüsste nicht wo. Nein, kann ich gerade nicht. Sonst hätte ich die West Coast Customs genannt. Auf der Seite steht, dass es ein bisschen mehr als ein Tech-Demo ist. Oh, Herdorf adoptiert ist Eisenerz. Herdorf? Her-Her-Her-Dorf? Herdorf. Eisenerz. Lässt sich machen, aber leider ist der Einzugs... Nein, du nicht. Hau ab, Jim Knopf. Herdorf Süd. Kann ich hier irgendwo den Einzugsradius von dem Bahnhof sehen? Nachträglich? Leider nicht. Oh, doof. Aber ich glaube, da komme ich nicht ran, ne? Ich glaube, da komme ich nicht ran. Wir müssten also vielleicht eine Stra... Oh Gott, mit Brücke. Am besten. Ne, Alt-Taste zeigt mir ja das hier an. Was auch ganz cool ist. Tschüss. So, Fertigung abgeschlossen. Du kannst neunmal drüber halten. Stationen. Das ist das Neue hier. 100% Gewinn. Ah, ne, da kommen wir überhaupt nicht hin. Ah, ärgerlich. Äh, Schiffe gibt es momentan noch nicht. Wie gesagt, das ist in Tech-Demo. Da kommen bestimmt irgendwann Schiffe. Schiffe mit Ü. Kommen da bestimmt irgendwann hin. Ähm, okay. Fertigung abgeschlossen. Sehr gut. Neue Forschung starten. 90K können wir auch gleich machen. Puh. Ach so, verfügbar in Warenhäusern. Hier steht, was wir da haben. Und wir müssen dann Warenhäuser in die Nähe von hier bringen. Und dann können wir damit Forschung betreiben. Fertigung haben wir. Eisenverhüttung und Holzverarbeitung. Das brauchen wir noch. Kostet aber 118K. Leck mich am Arsch und 350 Holz. Oh Gott. Also Eisenverhüttung kriegen wir hier gut hin. Das mit dem Holz, schwierig. Okay. Schnapper. Ja, ernsthaft. Oh nein, ich komme hier noch gar nicht durch. Region Lübeck. Da haben wir noch, da haben wir noch gar keinen Zugang zu Lübeck. Kann man hier eine Map machen? Ne, ne? Hier ist Leverkusen. Da ist Lübeck. In beide kommen wir gar nicht rein. Und hier Ludwigsstadt. Natürlich, es gibt immer ein Ludwigsstadt. Ähm. Mhm. Da müssen wir eine Brücke bauen. Hier geht's runter. Da geht's runter. Aha. Aber das ist zu kurz für eine Brücke, glaube ich, ne? Wir müssten hier bauen. Ähm. Ich weiß, dass wir die Gebiete kaufen müssen. Wir können sie uns noch nicht leisten. Wir sind arm wie die Kirchenmäuse. Aber wenn ich hier, ganz ehrlich, wenn ich mit LKWs da hinfahre, das dauert tausend Jahre, oder? Und die Förderbänder sind 100 pro teuer. Und Untergrund kann ich auch nicht durch den See ziehen. Ich glaube nicht, dass es geht. Oh. Ai, 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 ai. Ai, caramba. Hier vielleicht? Hier ist noch schlechter. Oh, das ist nicht gut. Hier noch schlechter. Aber wir können, oh, wir können vielleicht hier, aber teuer mit Brücke. Ich glaube, hier ist aber günstiger, wenn wir hier bauen, irgendwie. Und der fährt dann da rum. Das ist, glaube ich, viel günstiger, als wenn wir hier eine riesige Brücke bauen. Wir könnten auch Gleise dann hier oben rumlegen und da wieder einen Bahnhof bauen. Und hier mit den Signalen irgendwie. Wollen wir das vielleicht machen? Uff. Ja, Gleise wäre schneller, ne? Wäre auf jeden Fall schneller. Und wir hätten hier was, was hier Eisenerz abholt. Wobei das Eisenerz auch weniger wird, ne? Darf man nicht unterschätzen. Das wird weniger. Irgendwann müssen wir uns wieder abreißen. Die Gleisen. Okay, das kann ich hier eh nicht hinbauen. Das müsste ich, glaube ich, hier so, ne? Hattest du früher in der Schule gute oder schlechte Noten? Mal so, mal so. Ich war aber mit Sicherheit kein Vorzeigeschüler. Ne, da bauen wir halt mal noch ein bisschen weiter außen. Achso. Ähm, wieso kann ich das so bauen? Wenn ich das so baue? Hm. Ist das eine gute Idee, hier einfach die gerade Strecke zu bauen, hinten die Brücke abzureißen und dann haben wir eine Strecke, eine gerade Strecke durch den Teich? Oder ist das eher Bucky-Using, wenn das geht? Erst den Bahnhof bauen. Das kann man auch noch hinterher machen. Ist das Bucky-Using? Erstmal testen. Kostet 58.000, ist ein teurer Test. Ah, ist trotzdem eine Brücke. Ist halt nur unter Wasser. Ah, also ist halt, äh, ne? Die Stützen, man sieht da unten, dass es eine Brücke ist. Wir haben trotzdem eine Brücke gebaut. Also, es ist alles legitim hier. Es ist alles legitim, meine Damen und Herren. Hier in diesem sehr legitimen Stream. Der ist einfach so legitim. Selbst Anwälte gucken diesen Stream, um sich zu beraten. So legitim ist der. Das ist alles ganz schön teuer. Oh, das geht ja noch. Oh, das geht ja noch. Ah, haha. Oh nein. Nee, das, nee. Wir strammen genau an der Seite hier vorbei. Als wär's geplant, Freunde. Als wär's geplant. Was? Der Bob hat zehn Subs gegiftet? Warum macht der denn sowas? Der hat doch wieder Alkohol konsumiert. Lieber Bob, vielen Dank. Ist es unser, ist es unser Bobby-Bob-Mann? Vielen Dank, lieber Bob. Für die, für die Subs. Entschuldigung, wenn ich es manchmal nicht sehe. Ich muss ja auch im Bildschirm auch gucken. Aber nur manchmal. Und meistens gucke ich dran vorbei. In eine triste Zukunft. So. Ähm. Kommen wir hier so durch? Oder ist das eher doof? Hm. So, ne? So. Und dann können wir theoretisch ja auch Holz von da hinten hoch. Ja, ist schwierig. Huch, was ist denn hier los? Vielen Dank für die ganzen Subs sehe ich gerade. Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also ich, ich weiß nicht, was, was ist denn, huch. Was ist denn hier los gerade? Warum es haben gerade so viel? Aber ernsthaft, wieso es haben gerade so viel? Ach, es ist der Sub-Train. Ach so. Der Sub-Train läuft ein. Oh, schön. Freue ich mich natürlich. Klar, wie könnte ich mich nicht darüber freuen? Ich kann hier nicht sitzen und sagen, oh, schade. Das wäre so gelogen. Oh, schade. So. Tut, tut. Das bringt mich gerade voll auf eine Idee, was so cool wäre zu haben. Hm. So, Melonenbrot, auch dir Dankeschön für deine Gifte-Zaps. Vielen Dank für fünf Gifte-Zaps, Dankeschön. So, okay, pass auf. 25.000 haben wir noch, die reichen auf keinen Fall. Das ist gut. Und hier ist hier, da kommen wir durch, ne? Da ist eine Nische. Ich bin ja mehr so der Nischen-Streamer, von daher würde ich dann vielleicht hier durch die Nische bauen. Schu-Schu. La, 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 la. Schlütt die Weiche so. Keine Ahnung. Sehen wir bald. So. Und jetzt baue ich hier eine Station hin. Ja. Nicht genug Geld. Vielleicht baue ich da erstmal keine Station hin. La, 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 la. Willst du nicht lieber unter der Stadt die Strecke bauen, über den See? Nö. Ich will das schon mal, ne, ich will das ja auch mal sehen. Wie das hier so nicht funktionieren wird, wenn ich das mache. Das würde ich schon gerne erleben. So, Signale, Vorsignal. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich bin da echt schlecht. Ist es richtig rum? Ne, so, ne? So, ne? Und hier müsste eins auf die Seite. Und hier natürlich auch auf die Seite. Ist es richtig? Hab ich es richtig gemacht, Leute? Ihr müsst mir da helfen. Ich hab, da bin ich echt schlecht drin. Sieht gut aus? Okay. Ja, du, wenn es gut aussieht, dann wird es schon stimmen. Hier ist grün. Die beiden müssten, der ist grün. Die sind auch grün. Die dürfte eigentlich nicht grün sein, weil da hinten... Ach, nee, das wird ja erst rot. Wett. Aber ist doch richtig, oder? Vorsignale, damit die rechtzeitig halten. Vielleicht hier ein Vorsignal. Aber, 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 aber... Der müsste doch eigentlich den Weg finden. Vorsignal haben wir, aber der müsste den Weg doch eigentlich... Ich dachte gerade hier, qualmt es irgendwie. Ähm. Warum findet der den Weg nicht mehr? Signal immer rechts. Zuerst das Vorsignal, dann Hauptsignal mit Abstand. Okay, das haben wir ja gemacht. Rechte Seite, rechte Seite. Ja, grün. Und dann geht es hier rein. Das Problem ist das Signal vor dem anderen Bahnhof. Das hier. Aber das brauche ich doch, damit der nicht rausfährt, oder? Du hast recht, das ist auch... Das war das Problem, aber... Das ist merkwürdig. Weil eigentlich machst du das Signal... Du brauchst ein Signal in beide Richtungen. Eins links und eins rechts im Bahnhof setzen. Okay, probieren wir das mal aus. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt ist rot, sehr gut. Oh, ich muss gleich niesen. Und das müsste auch gleich rot werden. Entschuldigung. Beides ist rot geworden, sehr gut. Und das hier müsste auch rot, rot. Und das müsste grün sein. Ja, das funktioniert. Okay, das funktioniert. Sehr gut. So. Die sind jetzt auf grün. Jetzt dürfen die... Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hat funktioniert. Ein Träumchen. Jetzt kommt der aber wieder nicht zurück, weil... Brauchen wir denn immer beitseitig? Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Aber die machen gar keinen Sinn, die Signale. Der andere braucht auch ein Vorsignal. Der hier? Aber der kriegt doch gar... Kriegt der überhaupt ein Vorsignal gesetzt? Hier? Die Vorsignale hier machen gar keinen Sinn. Nee. Hm. Und das hier macht eigentlich auch keinen Sinn. Ditte hier. Theoretisch der andere Bahnhof. Aber hier... Der... Am anderen Bahnhof fehlen die Signale. Aber bei dem ist auch egal. Der braucht doch kein Signal, oder? Die Rücktür muss auch beidseitige Signale haben. Vorsignale verhindern nur, dass ein Zug... Genau, genau, genau. Also Vorsignale brauche ich nicht. Okay, das müssen wir erstmal rausfinden jetzt. Also wenn ich jetzt... Ich kann natürlich... Gut, ich mache mal auf die andere Seite. Hier auch. Scheint ihm aber egal zu sein. Scheint nicht zu funktionieren. Das ist es, glaube ich, nicht. Doch, das ist es. Okay, das ist es. Ja, gut. Dann mache ich... Da muss ich überall zwei Signale setzen. Okay. 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 Na gut. Vielleicht ist es ihm dann auch einfach sicherer. Und nein, ich will nicht zweigleisig bauen. Ich will nur, dass dieser Streckenabschnitt hier von zwei Zügen benutzt wird. Das wollte ich... Ich wollte das richtig machen. Wenn ich zwei Gleise baue, das ist dann keine Herausforderung in der Form. Ich will das mit den Signalen schon hinkriegen, natürlich. Ähm... Und jetzt brauchen wir immer noch eine Station. Mach schon Platz. Ich bin der Landwurm. Ja, Sigi, bist du das? Mr. Waltiel, natürlich. Schönen guten Abend... Grüße, glaube ich. Lieber Waltiel, ganz lieben Dank. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Monitor brauche noch? Habe ich noch nie. Habe ich noch nie. Okay, pass auf. Eisenerz. Min von Moria. Wie machen wir es denn am geschicktesten? Nicht genug Geld. Nicht genug Geld. La, 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 la. Das liebe Geld. So. Warum macht man Fettkohle für ein kostenloses Prime-Abo? Nein, nein, man macht es nicht, aber als Streamer verdienst du trotzdem ein Prime-Abo mit. Auch wenn es dich als Zuschauer nichts kostet. Ja, Prime-Abo, äh, kostenlos. Kostet als Zuschauer nichts, wenn du eh schon Prime hast. Aber der Streamer verdient trotzdem so viel am Abo wie am normalen Abo. So. Da läuft schon der Subtrain durch. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. So. Dachte, das kostet nur einen Monat nichts. Ne, ne, das kannst du immer wieder verlängern und das kostet nie was extra. Also Prime schon, aber Prime kostet an sich, aber halt, äh, der Prime-Sub kostet nichts. So. 27, 800. Breit. Oh. Das sehe ich ja jetzt eher. Oh, ja, Mann, ja, Mann, ja. Oh, das wird schön. Das wird ja schön. Unerträglich warm hier. Boah, hier unten ist auch, ich habe Fenster schon groß offen, aber hier unten steht die Luft einfach. Hier ist einfach, boah. So, oh, wir können bauen. Ähm. Ah, hier geht's eh runter, ne? Da geht's zweimal runter. Brühlwest. 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 Life is peaceful there. Brühlwest. In the open air. Brühlwest. Wir sind Brühlwest. Oh. Äh, bei mir regnet's. Gewitter vorbei. Ich habe gelesen, ich habe gelesen, dass aktuell soll es ja ein bisschen Unwetter geben und Regen hier und da. Toll. Aber danach soll wieder eine Hitzewelle kommen. Wenn ich das richtig sehe. In den Schweizer Bergen, wo es schön kühl ist. Oh. Schweizer Berge. Ich würde es irgendwie gerne hingucken, äh, hinkriegen, dass wir dieses Jahr vielleicht noch irgendwie mal eine Woche wegfahren. Und dann aber, dann würde ich gerne Richtung Schweiz. So ein bisschen Roadtrip mäßig. Für eine Woche. Hm. Bam, 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 bam. Okay, 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 okay. Brühlwest. It's Brühlwest. It's our favorite kind of Brühl. Ähm. Now let's see. Nicht genug Geld. Was? Same old, same old. Okay, dann warten wir hier mal so lange. Schweizer mit Pan wandern gehen. Ja, aber wirklich. Haben wir in Japan auch gemacht. Und ich persönlich, ich liebe wandern. Pan hat's in Japan gefallen. In Österreich damals war sie nicht so begeistert. Aber naja. Ich wollte es ja nur schaffen in die Berge, in die Wolken der Berge. Da wollte ich nur hin. Ich wollte nur in die Wolken. Oh, jetzt geht's. Ich warte noch ganz kurz ein bisschen, damit wir ein bisschen Plus haben. Genau, Pan sitzt. Das war Österreich. Mal gucken, wie Schweiz wird. Aber ich würde gerne in der Schweiz auch mit dem Zug fahren. Ne, da gibt's ja diesen einen Zug, der so richtig schön umfährt. Und da ist es toll. Der so völlig überteuert ist. Da würde ich trotzdem einmal, würde ich da gerne mal irgendwann mitfahren. Du machst Minus gerade? Nein, ich mache gerade kein Minus. Keine Sorge, das unten links ist die Monatsbilanz. Das ist nicht das, was wir aktuell machen. Schweiz gleich Pan liegt. Ja, genau, mit dem Glacier-Express. Ja, mit dem würde ich wahnsinnig gerne mal fahren. Ich habe mir aber sagen lassen, das soll wahnsinnig teuer sein. Ja, 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 ja. Ich klicke mal. Ach, wir können es ja eh keinen Zug leisten, ne? Warum ist hier alles so teuer? Ich habe doch extra Strecken-Geld gespart, indem ich hier übermäßig viel gebaut habe. Und hier wieder zurück. Da habe ich auch extra Strecken-Geld gespart. Mindestens 0 Euro. Ja. Man kann bestimmte Strecken fahren, die sind noch nicht mehr so teuer. Ja, das sind wahrscheinlich nicht die Hübschen, ne? Oder? Ist es in Japan teuer? Kommt drauf an. Wohnen, ja. Essen? Nein. Merch? In Akihabara, ja. Außerhalb? Nein. Also, es kommt immer drauf an. Ich würde die Touri-Sachen ein bisschen meiden. Die Touri-Gegenden würde ich alle ein bisschen meiden. Ich fahre täglich genug Zug, das reicht mir. Hm. Ich fahre zu selten Zug. Hm. Erhöhe mal die Geschwindigkeit. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, dass Herdorf Nord dann wieder... Aber ja, ich mache mal. Es ändert ja auch nichts daran. Ich bin doof. Es ändert nichts daran. Ob ich jetzt lange warte oder... Vorspule. Ja, 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 ja. Hm. Schade. Ich würde es gerne mal nennen. Kennst du den Thrill Walk in Schlitthorn-Schweiz? Nein, leider nicht. Den kenne ich nicht. In der Regenzeit reisen ist billiger. Deswegen waren wir in der Regenzeit ja auch in Thailand. Und deswegen waren wir jetzt in der Regenzeit in Japan. Und es hat eigentlich gut funktioniert. Es hat kaum geregnet, aber es war unglaublich schwül. Boah, das war so schwül. Du gehst auf die Straße, halbe Stunde und hinten am Rücken merkst du richtig, wie die Tropfen runterlaufen. Das war fürchterlich. Oh nein, wir brauchen ja noch ein Depot. Brauchen wir nicht. Aha. Es müsste eigentlich gehen, wenn ich hier noch Signale hinstelle. Oder... Äh, Signal? Hä? Achso. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schuchu. So. Die Signale. Wird mal wieder Zeit. Obwohl jetzt will ich ehrlich gesagt, würde ich lieber so. Bald schon beliefern wir den Bahnhof da drüben. Gronkh, du siehst voll alt aus. Ja, weil du voll jung bist. Deswegen. Ich sah schon immer so aus. Seitdem ich geboren wurde. So, sehr viele Signale. Das ist toll. Guck mal hier. Zugliebhaber werden sich freuen. Gronkh, du siehst richtig süß aus. Ja, weil ich schon immer süß... Ne, ich seh grad nur haarig aus. Ich seh grad einfach nur haarig aus. So. Äh. Ich will sehen, wie die Ladung aufgetragen wird. Hm. Das geht leider nicht, ne? Es sei denn. So. Ja, so geht's. Nein. 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 Tsch. Entschuldigung. Äh, okay. Stehen die Signale richtig? Das ist ne gute Frage. Müsst ihr hier auch ein Signal hin? Da krieg ich keins mehr hin, ne? Ja. 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 Die Glocke rot oben heißt da wieder hier. Fahrzeug hat sich verirrt. Pipapo. Wär schön, wenn man das hier löschen kann. Ähm. Wenn man hier den Nachrichtenverlauf löschen kann. Einfach. Ich glaub, das löscht sich so von selbst. Aber dann steht immer noch alles drin. Ähm. Hab ich genug Geld für den Zug? Nein. Ich hab Angst, wenn ich jetzt einen Zug bau... Aber der muss ja nur auf die Strecke kommen, ne? Ich kann eh grad keinen kaufen. Schon davon abgesehen. Ich will natürlich einen teuren haben. Mit diesem billigen Scheiß geben wir uns gar nicht das ab. Äh. Es dauert 100.000. Äh. Hast du schon den Asset-Editor ausprobiert? Ich wusste nicht mal, dass es einen gibt. Ich spiel jetzt grad zum ersten Mal. Warst du in Akihabara in dem einen Café an der Hauptstraße, wo der Eingang so schmal ist? Da gibt's Tausende. Ich weiß nicht, welches du meinst. Aber nein, ich war, glaub ich, nicht drin. Oder meinst du das Maid-Café? Da waren wir vor vier Jahren mal drin. Und seitdem nie wieder in einem. Bin grad gekommen. Erstmal Glückwunsch. Äh. Ist das mit Grongs Auge oder wirft der Schatten nur komisch? Mein Auge wirft den Schatten komisch. Das ist... Das ist richtig. Ähm. Wieso seitdem nie wieder? Ähm. Naja, es ist halt nur für Touristen. Also die, diese Kette, dieses Maid-Dreaming heißt das, glaub ich. Ich glaub, das ist nur für Touristen. Ja. Ja, ja. Aber Akihabara waren wir diesmal wirklich nur, um so ein bisschen zu gucken. Ähm. Einfach nur, um da wieder gewesen zu sein. Das war's. Ansonsten machen wir da nicht mehr großartig was. Und ein paar, so ein paar Hinterhof-Geschäfte haben wir abgeklappert. Weil ich wollte mal gucken, da gibt's halt auch so, inzwischen gibt's da mehr Gaming-Läden. Aber ich hab erfahren, es gibt da mehr Gaming-Läden, weil immer mehr Leute aus den USA rüberjetten, Reseller und da die ganzen Bestände wegkaufen. Und völlig überteuert auf Ebay stellen. Und deswegen war ich an diesen Läden. Und das Problem ist, ähm, die Preise in den Läden. Akihabara lohnt sich halt nicht mehr. So, Gehlenhausen. Ja, Mann, das ist okay. Hauptsache hier, oh, ich kann jetzt einen Zug kaufen. Ich kauf einen Zug. Zugzwang. Ich bin hier echt unter Zugzwang, aber ich muss jetzt noch, äh, Eisenerz. Äh, Eisenerz. Eisenerz, nicht genug Geld. Äh, ist nicht gut. Wir brauchen mindestens zwei. Auf einer Wagen Eisenerz. 31.000. Heute noch kein Japan-Storytelling-Stream. Haben wir noch letzte Woche. Den haben wir noch letzte Woche. Wie oft seid ihr denn in Japan? Ja, irgendwie, wir waren ja erst dreimal da. Aber irgendwie alle zwei Jahre. Und nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall nicht dahin. Weil nächstes Jahr ist die Olympiade. Und das wird, glaube ich, furchtbar. Das wird, glaube ich, ein richtiger Kulturen-Clash. Wollt ihr wieder nach Japan? Ja. Reicht es langsam? Nein. Nein. Nakano ist weitaus günstiger. Genau, da waren wir nämlich auch. So, Änderungen. Yeah, let's go. 3.000 Euro nur noch. Bitte nicht ins Minus geraten. Äh, Fahrplan. Vollständig beladen in Brühlwest. Und dann entladen in Herdorf. Und jetzt time ich das mal, wenn der Zug gerade weg ist vom Depot. Ich hoffe, das geht. Wieder den leckeren Rahmen gegessen. Ja, aber diesmal, diesmal ohne, äh, ohne Folgen, sag ich mal. Okay, warte. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hoffe, es klappt. Ich finde es schlimm, wenn Touristen sich in fremden Ländern schlecht benehmen. Ja, und da gibt es leider immer genug von. Da gibt es, aber wobei in Japan ist es halt auch schwer, wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt oder so. Ich bin ja auch angekommen. Das erste Mal, da ich in Japan war, war das erste, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wohin mit meiner Getränkedose. Reicht's nicht langsam mal mit Urlaub? Zwei Urlaube pro Leben sollten noch mehr als genug sein. Ja, haste recht. Tut mir leid. Guck mal, die Happy Zwillinge wollen hier wieder Lust zufächeln. Die wollen immer Lust zufächeln. Hab das gestern übrigens besprochen. Äh, das geht alles klar. Das kriegen wir alles hin. So. Oh, oh, weia. Oh, weia. Wir sind zur Kirschblütenzeit. Da war ich noch nie da. Elf Nächte dort gewesen. Ach, schön. Tokio, Drei-Sterne-Hotel mit Fluginstagramm 1.1 pro Person, inklusive Frühstück. Ach so, das war gerade an jemandem. Okay. Kirschblütenzeit würde ich auch gerne mal sehen. Aber da ist natürlich, äh, da ist natürlich preislich, glaube ich, nicht so günstig wie Regenzeit. Brauche ich noch einen Anhänger? Ja, das kann sein. Wir müssen erst mal gucken. Die erst mal kriegen nicht zu viel, ne? Guck mal, 32 von 75. Wir beobachten das mal. Die kriegen erst mal nicht zu viel. Wie war der Dreh für dich bei Stranger Things 3? Na, ich hatte diesmal ja viel mehr Screentime. Also, das hat natürlich ein bisschen gedauert auch. Diesmal, ich hab zum Glück genug vorproduziert. Ähm. Und ich musste halt diesmal viel wütender agieren. Teilweise. Aber das liegt mir ja eigentlich ganz gut. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ich vermisse England. Kann man mal hin. Körschblütenzeit. Ach, weißt du was? Ihr könnt mich doch alle mal. Körschblüten. Ich seh das doch im Chat. Was soll das denn? Hast du die Serie Tschernobyl gesehen? Oh ja, Tschernobyl. Also, naja, hab ich gesehen. Und, ähm. Es ist ja eigentlich weniger eine Serie, als eher eine Dokumentation. Da wurden ja teilweise echte Szenen komplett nachgedreht. Und die Schauspieler so gecastet, dass die wirklich so aussahen wie die real beteiligten Personen. Also, es ist eigentlich eine Dokumentation. Ähm. Tschernobyl, die Serie ist halt echt schon krass. Erik hat auch das Fleischmonster gespielt. Ohne Editing. Schön. Schön. So, bitte nicht spoilern. Ja, bitte nicht spoilern bei der dritten Staffel. Nicht spoilern. Huch. Brunsbüttel, Holzträger. Achso, Holzträger. Ja, ja, gut. Aber die krieg ich momentan noch nicht. Oh, wir haben schon wieder 122.000. Läuft. Wie sieht's hier aus? 64,75. Wir müssen gucken. Ablauge. Bis jetzt klappt's hier, glaub ich, auch mit den Signalen und so, ne? Ich hab noch nicht drauf geachtet, aber es sollte klappen. Stranger Things ist voll langweilig. Deine Mutter ist voll langweilig. Deswegen macht die Kreuzworträtsel. So. Ähm. 64,75. Müsst aber reichen, ne? Für ein Upgrade. Reicht. Ja, er wartet. Jetzt fährt er los. Klappt super. Gut, das Vorsignal ist vielleicht ein bisschen groß. Ach, der wartet hier dann schon. Okay, ja gut. Ob, egal. Cool. Wie viele Schulden? Äh, müssen wir mal gucken. Wie viele Schulden haben wir denn noch? 472. Wow. Wir können noch mal ein bisschen tilgen zwischendurch. So. Boah, das dauert aber, bis wir hier los sind. Das dauert ja. Hab jetzt innerhalb von einer Stunde vier Bankrotts erlitten. Echt? Aber, es geht doch. Du musst nur ein bisschen geduldig sein. Man muss nur ein bisschen geduldig sein, am besten ein bisschen mit dem Chat quatschen. Das geht immer. Emmelshausen. Okay. Wann kommt ihr nochmal wieder zu uns? Österreich. Also, erstmal würde ich gerne in die Schweiz. Österreich würde ich auch echt gerne mal wieder hin. Aber Schweiz würde ich halt wahnsinnig gerne sehen. Hm. 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 Du hast da Signal und Vorsignal getauscht. Nee, nee. Das sind eigentlich Signale für das Depot. Da brauche ich ja Signale. Damit hier, ne. Wenn jemand aus dem Depot oder da rein oder da raus. Lalalala. Dafür sind die ja da. So. Warum hat der liebe Herr Gronk sein Mikrofon gewechselt? Damit ich überall, auch wenn ich hier so unter den Tisch gehe und sonst irgendwas. Tisch mit Ü. Ähm. Damit ich immer zu hören bin. Liebe Laura, das ist voll lieb, aber ich muss echt zum Papier. Also, ich muss Haare. Ich würde hier wieder ausrasieren lassen. Und letztes Mal, als ich zum Papier wollte, vor dem Urlaub, äh, da hatten die beiden ja, ne. Die beiden, die da arbeiten, hatten beide Magendarm. Hatten sich beide angesteckt und deswegen konnte ich nicht zum Papier. Also, ich musste zum anderen gehen. Und der hat es nicht so gemacht, wie ich das gerne gehabt hätte. Vorher kennst du meine Mutter. Schön. Haaah. Hört sich leider nicht so schön, als hier das Studio-Mikrofon. Ist aber für Streams wesentlich besser. Und es liegt, glaube ich, auch, äh, noch mit am Mischpult, das ich noch gar nicht eingestellt habe. Ich habe hier noch Equalizer und so, aber ich habe da nichts gemacht. Hab da noch gar nichts gemacht. Ich bin froh, dass es gerade alles funktioniert. Und es hat alles von Anfang an heute funktioniert im Stream. Ist euch das aufgefallen? Trotz des neuen Setups hier und so, allem drum und dran, hat alles sofort funktioniert. E-Dream, sage ich, E-Dream. Das mit dem iPad hat funktioniert. Das mit dem alten DOS-PC hat funktioniert. Auch wenn es total sinnlos ist, aber hat funktioniert. Hört sich super an, lasst dir nichts einreden. Alles klar, da haben wir nicht beruhigt. Da haben wir nicht beruhigt. Aber ist trotzdem noch nicht eingestellt. So. Wow, Gronkh, sicher, dass du nicht träumst. Hä? Ach so, ja, ja. Ja, manchmal... Manchmal wache ich auf und denke, das war nur ein Traum. Ja. So. Da wäre wieder eine gute Gelegenheit für... Wo ist denn das? Oh nein. Ich habe ja alles umgestellt hier mit dem neuen Dingens. Ach ja, hier. Das wäre wieder eine gute Gelegenheit gewesen für... Gut. So. Ähm. Den mache ich viel zu selten eigentlich, ne? Müsste ich öfter mal machen. So. Gronkhs hat nicht alles funktioniert. Du hast uns den Chat vergessen. Stimmt. Im 4 zu 3 Modus habe ich den Chat vergessen. Ja. Ja, das ist richtig. So. Ähm. Äh. Ja, forschen müssten wir eigentlich immer noch. Ja, wir könnten mal wieder forschen, aber dafür brauchen wir... Ach ja, wir brauchen dafür Holz oder Eisenerz. Wir liefern aber Eisenerz ab, aber wir brauchen welche im Lager, ne? Äh. Eisenerz. Hä? Ich will hier... Ich will was zu dem Geschäft da wissen. 110, 160 Eisenerz. Wir brauchen noch mehr Eisenerz. Eigentlich können wir die Strecke erweitern bis hier unten, ne? Oh, das ist übertrieben. Ist es übertrieben? Es ist übertrieben. Gibt es eigentlich wieder eine Preview für Cyberpunk, wie damals bei Witcher 3? Ja, lieber Herr Döhler, wie sieht es denn aus? Gibt es? Weißt du ja, hier ist wieder Treppe zum Sitzen für 70 Stunden lang, während die Aufnahme nicht funktioniert erst mal. Und man fünf Stunden rumfummelt, damit man bis vier Uhr morgens aufnehmen kann und alle Beteiligten so da sitzen. Oh, jo. Und von links immer der Kommentar. Möglich? Möglich? Ja, kann man in Witcher 3 eigentlich reiten? Möglich? So. Ah, das war schön. Bertus a Germania... Germania... Dankeschön. Vielen Dank für die Giftsabs. Ja. Du bekommst einfach eine Statue von Cyberpunk. Oh Gott. Kann man in Cyberpunk 2077 reiten? Ich glaube eher fahren. Ich glaube, fahren wird das Ding sein. Wobei so ein fliegendes Pferd wäre natürlich geil. Oder 30-30 wie bei Braveheart. Würde vielleicht auch noch reinpassen. Aber quasi so ein Motorrad, was ein bisschen aussieht wie so ein Pferd. Oh nein, Gehlenhausen mit Eisenerz. Oh nein, Gehlenhausen am Rande des Bankrotts. Aber ganz ehrlich, Gehlenhausen ist da unten. Wir sind hier oben. Wir können doch nicht für alles Verantwortung übernehmen. Ähm. Hier ist wie immer noch Stillstand. Wir brauchen... Na komm, wir machen hier nochmal... Das war er hier, ne? Eisenerz. Eisenerz. Und er fährt zu den Minen von Moria. Hä? Da. Laden. Vollständig laden. So, und dann entladen. Und zwar... Hier, hier. Da. Brauchen wir vielleicht noch einen? Oder reicht das dann? Hau ab jetzt. So, 105, 160. Das müsste eigentlich reichen, oder? Für Cyberpunk kommen dann Keanu Reeves zum Zocken. Das ist schon geplant. Also das wird auf jeden Fall standfinden. Wenn das irgendjemand ne Minute glaubt hat. Stöhnen. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der Cyberpunk nichts abgewinnen kann. Maut sich, das ist richtig. Du bist der Einzige auf der ganzen Welt. Der es dann nicht gespielt haben wird. So, mit wem wirst du das neue Wolfenstein zocken? Ich nehme mal an mit dem Tobi, ne? Nehme ich mal an. Würde ich vermuten. Wobei der Tobi... Der Tobi ist ja Menschenfreund. Ich weiß nicht, ob der Spiele spielt, wo man andere Leute erschießen muss. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, 130, 160. Ich wollte das mal im Auge behalten. Während ich die ganze Zeit in den Chat gucke. 125. Herdorf akzeptiert es mir. Alles klar. Was ist denn mit den Zwillingen los? Da ist doch aber gerade Brunftzeit, oder? Ja, man muss bei Wolfenstein mit Zwillingen spielen. Das ist richtig. Man schlüpft quasi in die... Ich sag mal lieber Rolle. Ich sag mal lieber in die Rolle. Ist vielleicht sonst schwierig. Tobi hält nicht so viel von Snipern. Doch, der Tobi liebt Snipern. Wenn wir Borderlands gespielt hätten, wir hätten beide nur gesnipert. So, was? Ich esse gerne Zwillinge. Was? 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 Da geschehen Dinge. So, wie sieht es denn aus? 150, 160. Kriegen wir das noch? Kriegen wir das gewuppt, bitte? Kriegen wir das gewuppt? Ich weiß, wir haben nichts im Lager. Ist aber auch gut so. Wir wollen die Preise ja nicht zerstören. Ich will aber auf 160 kommen. In den letzten 30 Tagen. Das müssen wir schaffen. Alle Snipern sind doof, aber schön. Sehr, sehr schön. So, 150. Das wird immer weniger statt mehr. Jetzt rutsch mal ran da. Guck mal, wie die alle fahren. Na komm. 150. Na komm. Go. Ja, 160. Uh. Okay, weil wir das ein bisschen halten können. Was macht die Forschung? Ja, momentan sparen wir offenbar zu viel. Ja, ist mir egal. Kein Mitleid. So. Darlehen. Eine Rate noch, dann haben wir es weg. Ich mag keine Schulden. Aus der Vergangenheit heraus. Aus der Vergangenheit. Ähm. Weiß nicht mal, ob die internationale Wolfenstein-ÜP-Version deutschen Untertitel hat. Äh. Ich glaub, du brauchst gar keine internationale Version, oder? Kommt das nicht diesmal mal an, Kat? Wenn ich das richtig gesehen habe. Inklusive Symbolik. Red Dead Redemption würde ich vielleicht nochmal irgendwann spielen. Irgendwann mit Ö. Ähm. Aber nur im Stream. Und ich würde mir viel Zeit lassen. Sehr viel Zeit. Ich würde spielen und rumspielen. Diesmal gibt's nur eine Version. Okay. Ist ankert, aber die Sprache ist noch zensiert aufgenommen. Okay. Ja, oh. Ja, 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 ja. Mich hat das auch nicht gestört, ehrlich gesagt. Ich verstehe das, Leute, vom geschichtlichen Aspekt her. Und weil es vielleicht noch ein bisschen bedrückender ist, das verstehe ich schon. Aber. Ja. Es hat mir keinen Abbruch gemacht. Kann man das so sagen? Du, 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 du. Du, 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 du. Passiert bei dem Spiel auch was? Nö, nö, nö. Ich will nur kurz beobachten. Wir brauchen, glaub ich, aber trotzdem noch einen LKW, ne? Einen würde ich vielleicht noch einsetzen. Und dann würde ich aber auch bald was anderes machen. Mhm. Auch wenn ich mich, also ich könnte das jetzt die ganze Nacht lang spielen. Ihr kennt mich. Aber ich würde dann trotzdem, wir haben noch ein Paket zum Auspacken. Und, wenn wir mal vollständig beladen. Hier. Und dann entladen. Hier. Ich würde gerne noch ein paar andere Sachen machen. Let's go. So. Hier läuft. 80 von 110. Das war der Zug hier oben, ne? Müssen wir später mal gucken. Hau doch mal ab jetzt hier. So. Kann man das neue Wolfenstein auch alleine spielen? Ich glaube, ja. Ich bin mir fast sicher. Wann spielst du mal wieder ein Wimmelbildspiel? Vielleicht bald. Und ich bin mal wieder ein Wimmelbildspiel. Mhm. Bam, 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 bam. Bam, bam. Headsets sind sowas von 2010? Achso, gut, dann habe ich mich wohl getäuscht. Dann habe ich wohl vielleicht... Weiß nicht. So, willkommen. 2019. Bügelmikrofon, mein Freund. So. Ähm. Dann... Vermisst du eigentlich Deponia? Ehrlich gesagt, nein. Denn Deponia hat ja ein endgültiges Ende. Wird Subnautica noch zu Ende gespielt? Jawohl. Ja, Subnautica wird natürlich noch zu Ende gespielt. Also ich hoffe, wir kriegen das zu Ende. Wir werden aber noch ein bisschen... Wir werden noch ein bisschen bauen und so. Das ist ja... Also wir werden natürlich noch ein bisschen... La, 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 la. Okay. Wie sieht es denn aus? Ähm, hier. Das ist hohe Nachfrage. Ich glaube, dem könnte noch mal ein Dingens gut zu Angesichte stehen, ne? 80 von 110 sieht nicht so gut aus. Mittlere Nachfrage. Da ist ja der Herr, wo du um M&M Laden pupst. Hä? Hä? So, okay. Ähm, wie sieht es aus? 80 von 110. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir müssen den... Ah, guck mal, der wartet. Sehr gut. Wir müssen den gleich ins Depot schicken. Ach stimmt, der beamt sich ja ins Depot. Stimmt ja. Dann können wir den noch jetzt schicken, oder? Äh... Ins Depot schicken. Äh, gut. Jetzt warten wir erstmal, bis der abgeladen hat. Versucht bitte nicht, die Blacklist zu umgehen. Die gibt es aus gutem Grund. Letzte Schuldentilgen. Nein, ich brauche das Gefühl, unter Druck zu stehen. Mh... Okay, warte. Ja, Takarun. Dankeschön, Takarun. Viel, viel Dank. Dat freut mich zu hören. Ah, schön. Keiner weiß warum, weil ich Lob nie vorlese. So, wähle Depot aus. Ach so, ja, hier. Und... Ach so, das dauert ein bisschen länger hier, ne? Hab mir das Game auch gekauft und noch einen Zehner für die Entwicklung dagelassen. Ja, Trampel, hab ich auch gemacht. Gute Wahl. Find ich sehr gut. So, okay. Der Zug ist im Depot. Hihippo. Ähm... Dann würde ich sagen, schöner, offener Wagen. Änderung. War ich das gerade oder war das hier? Und dann Zug 1 wieder fahren lassen, sobald der weg ist. So. Babam, babam, badadadadam. Bam, bam, babam. Dam, 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 dam. Mh, mh, mh. So. Ach ja, Gehlenhausen. Ganz ehrlich, was soll das? Geil, Nehausen. Denkst du, es wird irgendwann euer Bioshock-Teil kommen? Ah, das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. So, 3000 Tonnen Kohle, äh, Koala. Danke dir. 3000 Tonnen Kohle, wegen dem Spiel wahrscheinlich gerade. Ich danke dir. Oh, das ist lieb. Er schreibt, ich liebe dein Borderlands-LP. Ich spiele genauso und habe super viel Spaß. Danke. Danke. Was ist denn mit diesen Zwillingen los? Was ist denn da los? Da ist doch irgendwas ins Wasser gemischt. Ich kann das gar nicht vorlesen hier. Manchmal denke ich, Gronk trollt in Borderlands nur. Nein, ich spiele wirklich gern mit der Sniper. Mit der Sniper-Spiel macht voll Spaß. Oh, Corsico. You're breathtaking. Breathtaking. Ich finde das so gut mit dieser Fußbewegung, die die Kern-Rees dabei gemacht hat, auf der E3 mit dem You're breathtaking. Oh, den Fuß so. Ach, das war schön. Das Paket nicht vergessen. Nö, 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 nö. Ich mache hier, ich mache hier. Ich wollte das hier natürlich auch nur ein bisschen antesten. Es misst jetzt eigentlich auch ein Multiplayer. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich spiele in Borderlands of Sniper und es ist Hammer. Sag ich doch. Das sagt doch. Warum glaubt mir das denn keiner? Kennst du das Spiel Knights of Senta? Knights of Senta. Wie alt war ich denn da? Knights of Senta, muss ich ganz kurz dazu sagen, ist so ein JRPG, aber mit so Erotik-Zeichnungen, so Anime-mäßig, also Manga-mäßig, weiß ich schon. Heutzutage Massenware, als das rauskam, gab es sowas so gut wie gar nicht. Zumindest nicht hier im westlichen Raum. Knights of Senta damals, ich hatte sogar das Original in der Box. Oh ja, das Original in der Box. Ich habe es mir heimlich gekauft. Und das Spiel war auch noch sehr gut. Es war auch noch ein sehr gutes Spiel, das Spaß gemacht hat. Die Story hat auch Spaß gemacht. Und das war Knights of Senta. Und da gab es noch ein anderes. Da warst du so ein Privatdetektiv in so einer komischen Stadt. Und das waren so meine zwei... Weißt du, andere hatten so ihre... Scheiße, das war echt geil. Ja, sag ich doch. Andere hatten so ihre... Porn-Zeitschriften, was weiß ich damals, und ihre Schmuddel-Zeitschriften. Und da hatte man dann Knights of Senta und Cobra Mission. Oh Gott, Cobra Mission. Oh Gott, das kennt jemand. Oh Gott, ja, Cobra Mission hieß das. Oh Gott, also Cobra Mission. Oh Gott. Oh Gott. Diese Flashbacks. Oh Gott, wie alt war ich denn da? Cobra Mission. Oh Gott. Cobra Mission hat echt Spaß gemacht. Es hat halt auch Spaß gemacht, die Dinger zu spielen. Nicht einfach nur so, oh Bilder, wie war irgendwie, was hat man ja, was hat man neulich gespielt? Hentai Breakout oder keine Ahnung. Hentai Words. Dieser Kack. So alles, was auf Steam auftaucht. Aber die haben halt echt Spaß gemacht zum Spielen. ach schön jetzt hast du es nicht mehr, weil die Hülle was zugeklebt ist die ist laminiert ist noch original verpackt nein, keine Ahnung, ich hab die damals alle ja irgendwann hab ich ja die Spiele verkauft und so doof hmm, Wet hat auch Spaß gemacht, das hab ich nicht gespielt da gab's noch äh, da gab's noch so ein Ding aus der Richtung Biegen hieß das, ne, Biegen, das war noch später so Wirtschaftssimulationen, wo dann immer so Halbnacki-Bilder waren ja, Biegen, genau mit zwei I, Biegen aber das, ja, das hat das war sehr, das war sehr schwer das war wirklich sehr schwer, das hinzukriegen huch, ach Brunsbüttel, natürlich wir reden hier gerade um andere Sachen, warte mal ähm aber Biegen hat auch Spaß gemacht, tatsächlich Biegen war schwer und lustig, genau genau, genau, das stimmt man, Gorn, wir sind bei Freie ab 15 warum erzählst du sowas? ja, ich glaub ich war damals 15, ich weiß es nicht genau so, Snowfox, sageschön Snowfox woran du merkst, dass du alt wirst wenn du in Jana Jones den letzten Kreuzzug noch auf Diskette rumliegen hast nja, 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 nja oder wenn du bei Stranger Things die ganzen Filme und alles kennst ich glaube Stranger Things ist für viele junge Menschen einfach eine coole Serie aber ich glaube, denen fehlt einfach noch ein ganz großer Faktor den man so als ne, wenn man das alles, wenn man die ganzen Zeiten auch durchlebt hat, dann ist da nochmal ein ganz anderer das ist nochmal ein ganz anderes Ding mal obendrauf nja haa, 5 also 5 nja, 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 nja dass das Spiel sehr frustrierend sein kann wenn man manche Sachen nicht beachtet das Dumb-Level hat das bewiesen ich hab aber auch gehört, dass manchmal sich die Level wiederholen so dieses Backtracking dass du sehr viel backtracken musst bei Borderlands 2 bei 1 weiß ich es nicht und dass das manchmal also in dem Fall war es halt doof weil du musstest halt genau das gleich nochmal machen was du gerade erst gemacht hast das hat mich ein bisschen frustriert nja die Serie hat einen Fehler damals war die Planck-Konstante gar nicht so genau bestimmt oh ja gut, das hab ich mir genau, das hab ich auch so gedacht da saß ich auch so und hab gesagt Mensch, gerade die Planck-Konstante das ist doch bei der Zeit damals Phantasmagoria kenn ich auch, hab ich aber nie gespielt hab ich nie gespielt Merilu Merilu, danke für 5 Gizaps, dankeschön und mal wieder fürs Zuschauen seit 1000 Jahren ungefähr hmm da da, bam hast du dir schon mal Surviving Mars angeschaut? ja, aber wir haben nicht survived wenn ich mich recht entsinne irgendeine Info fehlte uns von Anfang an hm, durch die wir zu spät richtig losgelegt haben deine Eisenminus überfordert ja, durch die LKWs das kann sein, das macht aber nix also nicht die Minus überfordert die Haltestelle ist überfordert ne, vielleicht können wir da was machen wenn wir mehrere Haltestellen das ist aber nur zur Stoßzeit Entschuldigung ähm wird dieses Spiel Singleplayer bleiben? ja, warum sollte das hier denn Multiplayer werden? bei manchen Spielen macht es doch wenig Sinn okay, die Frage ist wachsend aber das ist warte mal Geschäft 96 von 110 sollte das nicht reichen? also sollte das nicht hinhauen? mit den hmm oh, null ah oh, da kommt Multiplayer laut Support okay deswegen ah ja, ja, ja oh, dann kann ich mal wieder ein bisschen was in die Forschung schmeißen das Problem ist aber, dass wir dann das Erz noch schneller abbauen ähm neue Forschung starten Bergbau 2 brauchen wir 560 Holzträger wir haben noch nicht mal einen einzigen Holzträger oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott also wir, ja noch eine Eisenmine würde gehen ich glaube das ist das Einfachste, ne wenn wir noch eine Eisenmine setzen gefällt mir nicht so gut aber was willst du machen? reicht glaube ich trotzdem ne? ja, müsste trotzdem reichen so oder? mal gucken ja, das geht auf jeden Fall schneller jetzt da, es geht sehr viel schneller ist glaube ich ganz gut gute Idee wie hast du gelernt so schnell zu schreiben? ähm weil ich einfach seit meinem sechsten Lebensjahr schon am Rechner hänge so ach, Copy-Paste dankeschön sind so lieb Copy-Paste Entschuldigung ähm ähm wo möchtest du denn in der Schweiz überall hin? in die Berge oder eher Städte ansehen? ähm ich glaube ich würde ich bin ich bin ja eher so der Naturfreund so also ich schau mir gerne meine Stadt an aber ich mag's eigentlich eher ruhig das Einzige, wo ich es nicht ruhig mag also Tokio ist halt sehr belebt aber das ist das Einzige, wo ich halt gerne auch in der Stadt rumlaufen wenn die voll ist ansonsten meide ich gerne volle Städte kleine Städte hingegen mag ich gerne so malerische, idyllische zahl deine letzten Schulden ja so getilgt ist alles getilgt so spielst du auch noch was anderes? ja 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 ich wollte gleich auch was anderes machen wir müssen ja gleich noch das Paket unboxen ne? so Brunsbüttel akzeptiert jetzt Kohle Brunsbüttel akzeptiert jetzt also Kohle ich hab mal ne Frage ja liebe Zugarbeiter ähm wie ist denn das? wenn wir hier Fettkohle machen und wir liefern das mit diesem kleinen Ilexpress nachher drüben zu Twitch Prime kostenlos ähm und ich baue hier noch einen Brunsbüttel-Bahnhof hin der hier vielleicht geht würde das zu viel Zeit in Anspruch nehmen wenn hier einer warten muss ne ne dann würde ich glaube ich einfach noch einen Anhänger dran ballern oder? ist das eine gute Idee? ist eine gute Idee oder? komm sag es eine gute Idee ist eine gute Idee komm komm sag es eine gute Idee komm sag es eine gute Idee sag es komm flüstert mir ins Öhrchen komm sag es ähm ähm ist eine gute Idee gut ist eine gute Idee ja ist eine gute Idee das finde ich sehr gut so ist eine gute Idee sagst du ja gut wenn Chat sagt ist eine gute Idee dann glaube ich das gut ähm dann würde ich mal ganz kurz Eberkucke Eberkucke wir habe Geld ah wir haben ja so viel Geld 100% Gewinn oh Motorsport for Life 1997 Tim Dankeschön lieber Motorsport for Life 1997 Tim vor 5 gefühlt Dankeschön jetzt erstmal ist eine gute Idee dann machen wir erstmal ganz kurz naja hat das schon mal bessere Ideen Kappa so Lul ähm kann hier nicht bauen weil wir keine Gleise haben wir brauchen erstmal Gleise dafür ne mit die Tunnels und Gleise und dem Eisenbahnverkehr Ich hoffe, hier geht's noch. Ich bin da für ein Huckel. Ach, da geht's ein bisschen bergauf. Okay. Ich hoffe, hier geht's noch. Station... Warte mal. Was? Dolce United? Das ist doch kein Dolce United Song. Also, bitte. Ah, I see, I see. What happened there? Hm, das wollen wir natürlich so nicht. Das können wir so nicht akzeptieren. Ich finde, das sieht man noch ein bisschen schwierig. Aus manchen Perspektiven, das ist noch ein bisschen schwierig zu erkennen, wo man da noch Terra-Wormen müsste. Kennst du vielleicht Terra-Wormen-Grill? Warte mal hier nochmal den hier. Halt! Achso. Ich wollte das so machen, dass ich da hinten vielleicht noch eine Brücke rüberbauen kann, falls es nötig wird. Uh. Hallo. Ähm. Und wir können dann hier eine Station eventuell. So. Ich mach die hier so hin. Ich hoffe, das reicht. Brunsbüttel Nordwest. Okay. Dann brauchen wir aber wieder. Ihr wisst es bereits. Natürlich. Äh. Oh. Ah, doch, das geht. Äh. Aber nur auf einer Seite. Ähm. Hallo? Was mach ich? Mach ich hier. Okay. Dann kommt das Ding da weg. Warte mal. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Eine Sekunde. Gib mir doch bitte die eine Minute, ja? Das wär so lieb. Ähm. Okay, warte. Dann mach ich noch ein Vorsignal hier vorne. Ich glaub, das reicht zum Abbremsen, ne? So. Hier brauchen wir kein Vorsignal, weil hier ist der Zug eh nicht schnell, glaub ich. Und hier brauchen wir auch noch, äh, normales Signal. Wir bräuchten eigentlich auch hier welche wegen, äh, hier. Wegen dem Deport. Der fährt zuerst nach da oben, fährt Kohle machen, dann dann da runter. Okay, das müsste stimmen. Du, ich hoffe, das ist richtig, ne? Hier noch ein schönes Vorsignalchen. Hier, auf der... Ja, geht's da oben nicht. Gut, dann mach ich das da hin und mach das dann wieder weg. So, ich hoffe, das ist richtig. So. Das ist ja toll. Mehr ging auch nicht. Mehr ging auch nicht. Okay. Gut. Dann... Der Pott. Nein. Oh Gott, das will. Raus. So. 112. Die werden immer teuer. Oh nein, ich bin doof. Die werden immer teurer. So, Kohle. Offener Wagen. Für schöne Kohle. Sind zwei Wagen genug? Zug. Okay, warte. Ander... Ich mach auch kurz die Änderung und dann sag ich mal kurz den Zug. Äh, Fahrplan festgelegt. Vollständig beladen in Fettkohle-Machingen. Und entladen in Brunsbüttel. Passt jetzt thematisch nicht mehr so gut. Aber trotzdem. So, pausiert. Let's go. Eisen kriegen die ja, ne? Hm. Hier anschließen an das Schienennetz. Ah, der ist grad langsamer geworden. Ganz kurz. Sehr gut, das funktioniert. Ja, das ist nicht so gut. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Was mach ich denn jetzt? Hm. Hm. Ja, das ist, äh, ja. Ähm, wo ist hier das Depot? Cool. Vorsignal weg, aber warum? Fährt das noch ins Depot? Ach, das ist eher hier. Flups. Ja, Ausweichgleis oder Vorsignal weg? Hm. Hm, hm, hm. Hm. Wir müssen die Signale, haben wir vorhin festgestellt, wir müssen die Signale in beide Richtungen bauen. Sonst finden die Züge ihren Weg nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Wende, ja. Und dann kam die Wende. Sieht noch ganz gut aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Er dürfte da eigentlich kein Grün... Ah, alter. Er dürfte hier eigentlich kein Grün kriegen. Diese Signale würde ich am liebsten weghauen hier. Aber, wie man sieht, es funktioniert nicht. Subtraining kann sein Ziel nicht erreichen. Er dürfte hier, wenn man sieht, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist der einzige Weg, ne? Wenn der Zug jetzt hier hinfährt, müsste da automatisch rot sein. Wenn der hier auf der Strecke ist, dann ist diese Strecke nicht mehr frei. Das ist der einzige Weg, oder? Guck, da wird hier rot. Ist der einzige Weg, okay. Mal gucken, was passiert. Achso. Bis es rumst, Freunde, bis es rumst. Mal gucken. Ich krieg die beiden leider nicht nach da vorne gesetzt. Also muss ich die da hinstellen. Wir testen das mal. Jetzt ist hier rot. Alles klar, das scheint zu funktionieren. Wir testen natürlich trotzdem. Aha. 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 Jo. Und jetzt ist da rot. Alles klar. Scheint zu funktionieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. La, 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 la. Rumsdi, brumsdi. Ja, irgendwann, irgendwann wird das passieren. So, Hochnachfrage. Und langsam haben wir auch die Kohle. Langsam haben wir auch die Kohle, dass wir sagen können, ich möchte gerne eine Industry. Ja, ich wünsche mir hier eine Industry. Aber zu forschen, wo war denn die Industry? Ressourcengewinnung? Nein? War ich nicht? Ach ja, ich bin doof. Wir müssen das ja alles freischalten. Oh Gott. Und das wird richtig blöd. Gibt's auch Bahnhöfe mit zwei Gleisen? Ja, ich glaube bis zu sechs, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was, Eisenbahnwrestling? Habe ich was übersehen, gerade? Die vertragen sich doch jetzt hier, oder? Die vertragen sich doch jetzt. Das müsste eigentlich, müsste gehen. So. Okay. Gut. Ach, Ruh 1301. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist ja lieb. Hoffentlich stört bald die scheiß Natur. Okay, pass auf. Wir gucken mal, wie sieht's denn aus mit der Forschung. Nein. Ich bin immer, immer im Abrissmodus. Immer Abriss. Äh, Holz verarbeiten. Ich würde gerne Holz verarbeiten. Wir brauchen aber dafür 350 Holz hier. Wie kriegen wir hier 350 Holz her? Wie kriegen wir hier Holz her? Oh, da muss ich jetzt eine Forschungsstation bauen, da wo Holz ist. Die kosten ja auch was. Holz ist hier. Nein, Holz ist da oben. Ja. Hol, 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 Holz. Märchenwald wird langsam abgeholzt. Das ist sehr gut. Ähm. Aber wir brauchen... Liefern wir hier überhaupt genug Holz hin? Ne, ne. Wir brauchten hier was im Lager. Und müssten hier noch so ein Ding bauen. Labore. 97.000. Ja, ich wünschte, ich würde beide Bahnhöfe reinkriegen. Kriege ich aber nicht. Ist das... Ist das zu teuer, wenn wir das hier hin machen? Soll ich hier einfach hinbauen? Habe es auch mal getan. Neue Forschung. 350. Holz. 350 Holz. Let's go. Ja. Mal gucken, was passiert. Wir brauchen ja noch Holz dafür. 14 Holz müssen wir hier mal rein. Ich weiß nicht genau, ob wir die jetzt hier auch kriegen. Würde ich gerne mal gucken. Begradigen. Ach, ich habe jetzt einfach... Das Labor ist erhoben auf einem Berg. Darlehen haben wir abbezahlt. Jawohl. Dumm. Ba, ba, ba. So, wann kommt denn der Holzexpress hier? Da kommt der Holzexpress. Kriegen wir hier Holz rein in die Forschungsstation? Oder müssen wir gucken? Lass mich raten. Wo ist denn hier? Wir müssen noch ein Warenhaus bauen, ne? Null von Fragezeichen. Oh. Holz. Null von 100 sind Holz. Dann gucken wir mal. Ja, der Zug bringt wahrscheinlich zu wenig Holz. Ja, der bringt wahrscheinlich zu wenig Holz. So, pass auf. Einmal ganz kurz nicht mitfahren, sondern wir fahren nochmal ganz kurz ins Deport. Ab ins Deport. Und im Deport ballern wir nochmal ganz schnell so einen komischen Ein-Rungen-Wagen dran. Und los geht's. So, prima. Jetzt müssen wir genug Holz haben zum Forschen. Hat Erik schon Land als Erweiterung gekauft? Nein, noch nicht. Aber wir können bestimmt bald. Wir können bestimmt bald. Aber ich wollte auch gar nicht so lange spielen, ehrlich gesagt. Ich wollte nur mal antesten so ein bisschen. Ich werde mir übrigens zwischendurch irgendwann was zu essen holen. Weil wir heute ja früher angefangen haben, werde ich bestimmt irgendwann zwischendurch was essen wollen, müssen, können. Eventuell. So, wie sieht's denn aus? Da geht der Daumen ganz klar nach oben. Dauert ein bisschen. Nee, nee, Essen macht nur dick. Bin ich schon, muss ich keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Wird das als Let's Play kommen? Nö, das ist nur hier. Das spielen wir nur im Stream. Kommt auf den GrandTV-Channel, aber ansonsten, das kommt nicht als Let's Play. Wie gesagt, bei den Let's Plays würde ich ein bisschen zurückfahren und vielleicht lieber wieder Knickknack-Ausnahmespiele machen. So ein bisschen. Ja, naja, so. Ich habe noch zu trinken im Kühlschrank. Aber da müsst ihr jetzt ja aufstehen. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen Suppe drin. Warme Suppe. Lecker. Am liebsten sind mir Energy-Trinks ohne Kohlensäure und warm. Oh, ist das ein Lustgewinn. Oh, ja. Oh, widerlich. Das ist eine echte ekelhafte Suppe. Mach das nicht. Trink sowas nicht. Ah. So. Okay, hier ist 3 von 25 abgeschlossen. Toll. Ähm, das dauert jetzt natürlich noch 1000 Jahre. Du klingst schnupfig, weil ich es bin. Weil ich es einfach bin. Man kann heutzutage so vielseitig sein. Warum nicht mal verschnupft? Eigentlich sind die Bahnhöfe Süd und Nord falsch ausgerichtet. Das ist mehr Kack. Egal, das Spiel hat die so genannt. Ich habe die doch nicht so genannt. Brühl. Ah, die kann ich ja nicht unbedingt. Stimmt ja. Neue Gebäude finanzieren. In Brühl. Wer will denn sowas? Lohnt sich außerdem noch gar nicht. Glaube ich. So, Eisenerz geht bald alle wahrscheinlich. Dann verschwinden die ganzen guten Geschäfte. Und wir machen keine Kohle mehr. Wir brauchen mehr Eisenerz. Erscheinen hier eigentlich neue Minen oder sowas? Mit der Zeit? Weil sonst wird es ja irgendwann schwierig, oder? Und ich würde gerne gucken, was es in Gemering gibt. Aber Deignis, Kupfererz. Ah, Rheinfelden. Okay, hier gibt es Kohle nochmal. Kohle haben wir aber schon. Und da ist Ludwigsstadt. Leverkusen braucht Holz. Und bietet Kohle. Bringt uns nicht viel. Lübeck 92. Hätte gerne Holz Gedingse. Die können wir bald machen. Und bietet... Lübeck bietet Sand. Toll, danke Lübeck. Du bist ja super. Da kommen wir noch nicht hin. Und hier ist Emmelshausen. Die wollen verformtes Holz haben. Hier ist Holz. Die wollen auch verformtes Holz. Aber wir können ja... Wir können ja da, wo das Holz steht, ne? Können wir da nicht auch schon eine Holzfabrik hinbauen, die das Holz direkt verformt? Das würde mich interessieren. Gronkh, war da eine Kindheitsstimm? Das ist aber eine schöne, eine schöne, respektable, generische Frage. Teils, teils. Mal so, mal so. Wie Kindheiten eben so sind. Ähm. Dafür hast du wahrscheinlich die Förderbänder. Du meinst, die Rohstoffe direkt an der Mine verarbeiten? Ne, das möchte ich nicht. Oder? Das wäre wahrscheinlich viel praktischer, als wenn ich jetzt irgendwo zentral alles verarbeite, oder? Wäre das nicht viel praktischer, alles direkt da zu verarbeiten? Ja, ne? Bambam, bambam, bambam. So. Gibt's denn schon einen Gegenbus? Ja, der kommt natürlich bald. Das kommt hier. Da ist hier im Entstehen. Bus, Gegenbus, da sieht man's schon. Ich würde auch gerne die Gleise mehrstöckig bauen. Geht ja mal nicht. Ich weiß nicht, warum. Hm, hm. So. Hab gerade nochmal OpenTTD ausprobiert. Ist leider nicht ganz so poliert. Naja, aber das Spiel ist ja auch schon, hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel. Besser ist es, wenn du 40 Schmelzen baust. Okay, das ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, dann, ja. Bahnhof kann man auch erweitern. Ich weiß nicht, ob es nachträglich geht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich kann nicht draufklicken. Oder vielleicht kann ich, wenn ich, sage ich mal, hier, Bahnhof. Kann ich nicht bauen. Ähm, Breite ändern. Also, Bahnhöfe gehen so breit, aber der hier ist eh in einer Nische. Ich weiß nicht genau, ob man die überschreiben kann. Weiß ich nicht. Damit man nachträglich ein Gleis hinbaut. Dit weiß ich nicht. Wäre schön, wenn's ginge. Hm. So. Okay, was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich wollte gucken, wo ich jetzt vielleicht noch was dazu kaufen kann, ne? Ein Gebiet oder so. Aber irgendwie sehen die alle... Leverkusen braucht Holz. Holz ist aber oben. Und Leverkusen bietet mir keinen Wald, sondern nur Kohle. Ich bräuchte irgendwas, wo ich wieder schnell Profit machen kann. Ich muss ja hier so denken. Oh. Ortschaft Herdorf ist eine Stadt. Toll, glaube ich. Guck mal hier. Region Öderan. Ich kann aber nix sehen aktuell. Ressourcen haben die hier. Kupfererz. Ach, das kann ich gucken. Okay, die haben Kupfererz. Toll. Gemeringen hat auch Kupfererz. Toll. Ja, Gelenhausen will auch Holz haben. Die wollen... Und die wollen Kohle. Hm. Eigentlich gut, ne? Holz. Die wollen Holz haben. Sind aber schon fast am Verzweifeln. Sehr hohe Nachfrage. Wir könnten da schnell was aufbauen. Eine Million. Puh. So. Ja. Das sehe ich erst mal noch nicht. Eine Million, ganz ehrlich. Was ist mit den Wüsten von Lübeck? Ah, nee, das war die Wüsten von Löffingen. Was ist damit? Da gibt's Stein. Was gibt's in Lübeck? Sand, natürlich. Ja. Eine Million. Da habe ich jetzt aber wenig Lust drauf, da zu sparen. Hier gibt's noch Holz. Ach ja, das war ja das. Das könnten wir kaufen. Wir wären am Limit. Wir könnten es aber kaufen und hätten noch mehr Holz. Lieber Nachdenker, bei Papers, Please gibt's einen Gregor Onk. Das ist richtig, weil ich bei Kickstarter dabei war. Das ist die Geschichte dazu. Die ist nicht sehr aufregend. Holz. Wie war das für eine Million? Naja, aber hier ist Holz auch und hier ist da und hier brauchen wir auch Holz. Also eigentlich cool. Hier verändert sich nichts, solange wir dann nichts bauen, glaube ich. Solange wir das nicht gekauft haben. Und wenn wir hier was hinkriegen, sofort das dazu bauen oder mit Lieferbändern oder irgendwas, keine Ahnung, automatisch zu bauen, dahin zu liefern, dann regnet's Asche, Freunde. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich mutmaße. Das heißt, ich weiß nichts, tue aber so, als wüsste ich es. Ähm, Nase jucken. Hehehe. Warst du schon mal im Märchenwald? Nee, da sperrt so, da wird abgerissen. So. Ähm. Na, 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 na. Oh, danke. Wollte ich gerade auch timeouten. So. Ähm. Ich würde das gerne machen, aber ich will erstmal. So. Ich würde erstmal gerne diese Forschung zu Ende machen, ne? Haben wir die schon? Nee, ne? Oh, das dauert. Ich will gleich was anderes machen, aber ich will natürlich nochmal kurz die Forschung, dann kurz da oben das Land kaufen, dann ganz, ganz kurz die Produktionskette ausprobieren. Dann machen wir wirklich was anderes. Dann machen wir wirklich was anderes. Oh, Brühl akzeptiert jetzt mehr Kohle. Na, das glaub ich. Boah, das dauert aber noch ein bisschen. Aber das ist ganz gut, wir sparen so lange ein bisschen Kohle. Wenn wir das Gebiet kaufen, können wir direkt bauen. Das Gebiet ist ja auch teuer. Und wir können sofort bauen. Ich warte noch mit dem Kaufen, damit die Geschäfte da hinten nicht abflauen. Da will man ja Zeit haben. Das ist alles strategisch, strategisch ist das. Dann machen wir. Wir können ja auch so lange... Wo ist denn hier? Machen wir so lange so, ne? Hi. Da sind wir wieder. Na, wie geht's? Ist denn alles Paletti bei euch zu Hause? Habt ihr denn... Die Streaming-Auszeit gut überstanden? Das hab ich letzte Woche gar nicht gefragt. Letzte Woche waren wir nur ganz kurz on. Ich glaube sechs Stunden nur. Ähm. Da hab ich gar nicht gefragt. Hab ich einfach nur erzählt die ganze Zeit. Aber der Chat ist gerade auch eingeschlafen. Oder ist der Chat wieder down? Weil der kommt erstaunlich wenig durch gerade. Hallo? Der Chat ist aber irgendwie... Wann ist denn... Ist Twitch wieder irgendwie... Ich glaube der Chat ist gefreezed. Das ist ja pünktlich. Gerade wo ich rüber geschaltet habe. Das ist toll. Ähm. Ich glaube der Chat hat einen Trees. Ist das... Sehe ich das richtig? Ich, äh... Guck mal ganz kurz was. Warte mal. Äh. Wo ist denn hier? Oh Gott. Was hab ich denn alles offen? Ähm. Da. Mod-Chat steht nichts darüber. Ja. Oh der Chat scheint gerade irgendwie tot zu sein. Bei mir ist er auch tot. Schreibt die Mina. Okay. Ja der Twitch-Chat ist gerade mal wieder down. Alles klar. Ofidimo. Toll Twitch-Chat. GG. Cool. Da will man einmal in fünf Jahren Zuschauer vorlesen im Chat. Und gerade jetzt ist er tot. Schade. Brunsbüttel akzeptiert auch Holzbretter. Gut für dich Brunsbüttel. Gut für dich. Wo war denn Brunsbüttel nochmal? Holzbretter. Aber wo soll ich die denn herkriegen? Ah ja. Hier alt. Da kann ich auch wieder... Äh. Hier. Da mach ich den hier wieder. Dann fällt das nicht so auf mit dem Chat. Aber jetzt kann ich ja nichts mehr vorlesen. Jetzt bin ich ja ganz allein auf mich gestellt. Finde ich nicht gut. Hilfe. Ich will Menschen vorlesen. Weil ich muss ja warten bis hier... Bis hier... Bis das fertig ist. Und das dauert ja offenbar ein bisschen. Was sind die eigentlich mit der Holzproduktion in der Zeit? Äh. 80... 80, 590. Wir sind bei Stillstand. Ähm. Oh. Oh. Oh, das ist aber nicht gut. Ich glaube, das ist zu wenig Holz, ne? Hohe Nachfrage. Oh, das ist aber nicht gut. Okay, wir müssen vielleicht... Aber wenn ich noch mehr... Noch mehr Anhänger kann ich nicht machen, weil der Bahnhof zu kurz ist dafür. Der reicht jetzt gerade so aus. Wir können noch einen Anhänger kriegen wir noch rein. Ähm. Hier. Ich mach nochmal einen Anhänger dran. Okay, warte. Fahre zum Deport. So. Mach nochmal einen. Später kommen wir wieder weg. Erstmal jetzt. Zack. Dran. So. Los geht's. Ja. Ja. Boah. Das müsste passen. Yo. Passt gerade noch. Die Bahnhofe müssten dann länger werden. Und ich glaube, die werden irgendwann auch länger. Eieieiei. Ja. Chat ist tot. Entschuldigung. Ich lese gerade noch. Ich sehe noch die Notifications von den Subs. Die funktionieren noch offenbar. Also hier steht zum Beispiel Hallo Gronkh bei der Notification. Und Hey. Das war es aber auch. Das ist alles, was hier rumkam. Ja. Und Sergeant Ghost hat gerade nochmal Twitch Prime. Und Jits10 hat auch nochmal Twitch Prime. Aber da stehen keine Nachrichten bei. Ich weiß nicht genau, ob man da dann Nachrichten abschreiben kann. Hm. Hallo, Lehrer-Chat. Hi. Oh, jetzt. Oh, da kommen Sachen durch. Huch. Test 2. Hi. Test. Nee, kann man nicht. Uh. Oh, hi. Na du. Alles gefixt. Gar kein Problem. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ghost Nachricht von Sam. Da sind sie wieder. Hallo, Freunde. Gleich erstmal Submodel reinmachen. Okay, warte. Ähm. Cool. Gronkh der Sexprotz. Gut, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ich hab's lange Zeit verschwiegen, aber es ist einfach zu offensichtlich. Boah. Achso, wir haben 1,1 Millionen. Ich dachte gerade, das kostet zu viel. Höh. Ja, Holzverarbeitung abgeschlossen. Let's go, Freunde. Jetzt ist der Chain wieder da. Und jetzt Holzverarbeitung abgeschlossen. Wir kaufen uns ein hier oben. Mal gucken, ob alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Erkunde die Welt. Was? Ah, ich glaub, der macht da oben jetzt noch die Maps fertig. Wenn wir da rumscrollen, glaub ich, oder? Kann ich mir vorstellen, weil die Map ist ja unendlich, soweit ich das weiß. Alles klar. Region mehr. Äh, hallo? Die Region ist nichts. Alter, die Region ist aber richtig scheiße teuer, ne? 1,8 Millionen. 1,5 Millionen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, so. Chat geht noch nicht? Okay. Er ging ganz kurz zwischendurch. Gronkh, der griechische Göttergeilon. GGG. Da hat jemand aufgepasst. Ich war zu lange in der Isolation. Zu viele Menschen. So, warte mal. Äh, achso, ich wollt... Oh, ich wollt den hier machen eigentlich. Aber jetzt müsste doch eigentlich... Der Holzzug müsste doch eigentlich jetzt alles hier hinbringen, oder? Wir sehen das gleich. Okay. Ja, Twitch ist död. Immer wenn wir Freitag streamen wollen, ist Twitch wieder död. Wat ist da los, Twitch? Wat ist da los? Okay, Förderbänder. Förderbänder verlegen, Förderband umdrehen, Förderbandgeräte. Ein Verbinder. Interessant. Also, ein bisschen Factorio ist hier auch drin. Wenn ich jetzt eine Industrie baue. Erstmal natürlich ein Förster. Äh, ein Holzfäller natürlich, klar. Holzfäller. So. Au, 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 au. Mein Auge juckt. So. Grons unglaubliche Schönheit lässt Twitch einfach stillstehen. Schön. So. Äh. Ich bin ein richtiges Speck-Symbol. Okay. Gut. Den Förster haben wir. Dann würde ich gerne Industrie bauen. Ich weiß aber nicht genau, ob das geht. Warenhaus, Verarbeitung, Kreissäge. Manche laufen da lachend hinein. Hier ist ein Förderband. Die wollen beides. Die wollen beides. Kann ich, kann ich aber zwei davon bauen? Kreissäge. Jetzt mache ich ein Förderband. Das ist ja interessant. Konnte nicht bauen. Okay, warte, warte. Geht das? Könnte ich nicht bauen. Da ist auch falsch rum, ne? Da muss ich hier Förderband umdrehen. So. Aber wie kommen denn da Sachen drauf? Ein Verbinder vielleicht? Ah. Okay, da muss ich hier nochmal... Okay. Ich mache hier nochmal schnell einen Verbinder. Das ist hier alles... Alles Neuland. Ah. Ein Verbinder und noch ein Verbinder. Förderbandgeräte. Noch ein Verbinder. Boah, ist das nice. Das ist ein cooles Game. Oh, weia. Die haben natürlich kein Lagerhaus hier. Ähm, deswegen... Könnte ich jetzt hier ein Lagerhaus... Ich muss ein Lagerhaus bauen jetzt, ne? Wo die Sachen reinkommen erst mal. Erst mal. Und dann wieder einen Verbinder machen. Richtig? Ich hoffe, das geht. So. Ah. Man kann nur eine Sache einlagern, ne? Kann ich das nochmal abreißen? Ja. Das ist aber ein unrealistisches Warenhaus, mein Freund. Dass man nur eine Sache lagern kann. So. Dann Verbinder. So. Oder Verbinder geht nur raus, oder wat? Achso. Vielleicht soll ich hier nochmal... Ups. Ähm. Hier. Das geht nicht. Hab neulich an dich gedacht, als ich im Sommer da zum Steampunk-Picknick war. Oh, Sommer da. Habe ich ja mal erzählt, ne? Falsche Sorte? Das ist Metall. Betonträger. Achso. Oh, oh, oh. Ähm. Hä? Ach, da unten. Alles klar. Dankeschön. Entschuldigung. Stahl ausgewählt. Sah, es sieht alles gleich aus. Ich bin Ressourcen-Rassist. Für mich sieht das alles gleich aus. Äh. Warenhäuser. Dann hier nochmal. Flump. Und dann machen wir hier die Bretter rein. So. Nämlich. Und dann natürlich nochmal schön ein Förderbandgerät-Verbinder. Ein Dream. Ein Dream come true. Äh. Förderband verlegen. Schön. Schön, schön, schön. Dauert noch ein bisschen natürlich. Theoretisch kann ich hier noch einen hinmachen. Wenn wir doppelt so viel produzieren wollen. Vielleicht eine gute Idee. Hier wird noch einer hinpassen. Der dann da hier, da, da auch. Für doppelt so schnell. Und dann liefern wir die Sachen hier rein. Solange die noch wollen. Märzig. Gleise. Würde ich jetzt erstmal hier so. Entlang machen. Wir können auch ein Förderband direkt da hinbauen, oder? Ach nee. Wir müssen ja mit dem. Hm. Okay. Nee. Ein Lagerhaus kann nur eine Materie. Also kann nur ein Item. Fassen. Huch. Hier. Das kann nur Holzdinger. Und das kann nur diese, diese Bretter. Also pro Lagerhaus geht hier momentan nur ein Ding. Das ist eine Ressource. Deswegen hat jedes Lagerhaus hier. So. Und ob man Lager, äh Förderbänder verbinden kann, weiß ich gerade noch nicht. So. Und jetzt ist die Frage. Ich mach hier einen Zug, oder? Der kann auch mehreres auf einmal transportieren. Ist, glaub ich, ganz gut. So. Oh, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht alles raushauen, was wir haben. Ähm. Mhm. Ja. Ja. Ich muss nur gucken, wo ich hier oben Bahnhof hinsetze. Warte mal. Stationen. Die sich lohnen. Ah. Fug. 78% gewinnen. 100% gewinnen, wenn man es da hinschaut. 97%. Ich muss ein Haus abreißen. Entschuldigung. Ciao. Da wohnen eh nur Kacker. So. Ich baue die Station einfach mitten in die Stadt. 100% Gewinn für beides. Genauso stelle ich mir das vor. Da werden Leute einfach direkt ausrangiert. Und das da unten brauchen wir so auch nicht. Dann mache ich auch einfach Gleise. Hier Stationen. Symmetrisch geht gar nicht. Oh nein. Ich mache hier hin. Überhaupt nicht symmetrisch. Oh ja. Ich habe es getan. Aber dafür. Flups. So. Zugdepot. So. Und dann machen wir hier wieder. Flupp. Und einmal schön Gleisi Gleis. Oh. Das geht nicht. Ich hoffe, das ist richtig. Gleisi Gleis ist nicey nice. Zug für 146 Meter Gleis. Ja, natürlich. Das ist Industrie hier. Guck mal. Das fahre ich doch nicht mit dem LKW. So. Kaufen. Ähm. Ja gut. Da muss ich jetzt auch mal sparen. Kann mir den Zug nicht leisten. Hauptsinn Lager gehen schon mal voll. Das ist gut. Brauchst du eine Tüte zum Atmen? Hältst du die Asymmetrie aus? Das geht. Das geht. Es ist gut, so wie es ist. Sehr hohe Nachfrage. Alles klar. Wir sparen ein bisschen. Holen uns den Zug. Warte. Was war das? Habe ich das gerade übersehen? Pritschenwagen. Na 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 na. Ein Rungenwagen für Bretter und noch ein Rungenwagen für Holzträger. 32.000. Kurz sparen. Das geht andere zu Fuß. Ja dann schlepp doch das ganze Holz. Dann schlepp doch das ganze Holz zu Fuß. Okay. Und der fährt jetzt erstmal hier. Vollständig beladen. Ne ich mach nur beladen. Laden. Hier. Alle Einheiten und entladen. Hier. Der ist ja übermotiviert. Oh schön. Schön, schön, schön. Ach schön. Guck mal wie sich das gelohnt hat mit dem Zug. Wie sich das gelohnt hat mit dem Zug. Ist das nicht schön. Und das Schöne ist, da hinten haben wir das gleiche nochmal in grün. Also wenn wir hier genug produzieren, können wir irgendwann den Zug noch dahin erweitern. Oder wir machen hier noch einen neuen Bahnhof hin oder so. Die Fließbänder werden in die Stadt gegangen, aber man muss, die Endablieferung muss man mit sowas machen. Das geht nicht mit dem Fließband. Die Fließbänder funktionieren leider nicht. Boah, da will ich schnell Dinger gehen, ne? Nice. 91, da müssen wir mal gucken. Du wolltest schon seit einer Stunde was anderes spielen. Das ist ja mal was ganz Neues. Mach zweiten Hänger mit Brettern. Ja, mach ich natürlich. Oh, wir haben schon wieder 109.000. Wo kommt das denn her? Bestimmt von Merzig. Wie sieht's hier aus? Oh, okay. Äh. Dann mal ins Depot schicken. Was ist mit der Musik los? Habe ich auch was gemacht? Äh. Dann nehmen wir hier noch einen Ruhmwagen. Und wir machen, komm, wir machen noch einen. Äh. Hier. Bretter. Und die beiden passen ja dann. So. Ach so. Heizug. So. Flupp, 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 flupp. Oh, schön. 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 Ach, Merzig. Da bin ich gerne. In Merzig ist es herzig. Das finde ich gut. So. Ich glaube, das Ding hier macht uns echt cool, ne? Du hast unser Haus abgerissen. Ja, ihr habt doch was Neues. Ihr habt doch jetzt diese Villa an der Cote Asyr. So, Cote Asyr fand ich früher wahnsinnig lustig, den Begriff. So, okay. Die Frage ist, aber ich glaube, wir holen genug ab. Ja, Gehlenhausen ist mir egal. Wir könnten noch eine Säge bauen, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? Vielleicht hier würde es sich lohnen. Hier auf jeden Fall nicht. Das würde es sich lohnen, wenn wir hier drüben bauen. Da brauchen wir... Was sind das für Barren? Eisenbarren. Hm. Emmelshausen. Und hier? Holzrahmen und Eisenteile. Okay. Hm, 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 hm. Hm. Laa... Es gibt sehr viele Codes da in Frankreich. Das wundert mich nicht. Ähm. Gut. Ehrlich gesagt, das gefällt mir sehr gut. Bis jetzt. Was ist denn hier mit dem... Das ist wieder grün. Okay, sehr gut. Ja, läuft auf jeden Fall. Also die Millionen hier, das Investment hat sich gelohnt. Darlehen ist getilgt. Wir haben kein Darlehen mehr. Alles gut. La 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 la. Ei, 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 ei. Ja, so. Ding, ding. Dass die beiden hier noch orange sind, liegt daran... Wir liefern aber genug ab, oder? Da wurde gebaut gerade. Oh. Ja, wir liefern mehr als genug ab. Das Spiel kann man schon kaufen, aber momentan nur in der Pre-Alpha-Version. Auf Itch.io. Ich glaube, die Mods schreiben ab und zu mal die Links in den Chat. Ah. Die Forschung. Ja, die Forschung. Da müsste ich jetzt wieder irgendwo bauen, wo wir Eisen haben. Neue Forschung starten. Wer will denn das? Dampfmaschine wäre natürlich schön. 560 Kohle. Wow. Oh, Dampfmaschine wäre interessant. Benzinmotor. Straßen 2. Was macht das? Balkenbrücke. Gleise 2. Güterwagen 2. Gleise 3. Bergbau 2. Fertigung 2. Steinverarbeitung. Oh. Dafür brauchen wir aber Eisenbarren. Dafür brauchen wir aber Eisenverhüttung. Und dafür müssen wir irgendwo Eisen hinliefern. Oh. Wir haben zu viel Eisen hinliefern. Also müssten wir das hier abreißen und da vielleicht hinbauen. Und dann da mehr Eisen liefern. Wenn das hier überhaupt hinterherkommt. Oh doch, das kommt gut hinterher. Gut. Gut, gut. Ja, ja, ja. Kleinere. Ne, ne, Mika. Ich hab die Version hier auch von Itch.io. Ich hab mir die auch gekauft. Ich hab die genau von da. Drück mal bitte Alt. Haben wir doch schon gemacht. Haben wir doch schon längst gemacht mit Alt. Guck mal. Hier. Wenn's dich aber so sehr beruhigt. Guck mal hier. Da sieht man überall. Ist das nicht schön. Ja, die Holzbretter hier krieg ich wahrscheinlich nicht hin. Weil da müsste ich halt ne riesige Strecke bauen. So. Hier alles cool. Eisenerzstillstand. Ja, da müsste ich halt entweder noch mehr Wagen bauen. Aber dann bräuchten wir hier ein zweites Lager. Was vielleicht nicht das schlechteste wäre. Wir bräuchten hier ein Lagerhaus wahrscheinlich, ne? Äh, naja. Mal sehen, ob du nachher von der Arbeit kommst. Ob du noch streamst, ob du nicht nachher von der Arbeit kommst. Müsst gleich los. Schienen wechseln. Oh. Ja, dann viel Erfolg. Ich weiß aber nicht genau, wie lange ich heute streame. Weil mein Biorhythmus momentan so funktioniert, dass ich relativ früh aufstehe. Ich bin aktuell immer so ab neun auf den Beinen. Für Streamer-Verhältnisse oder Let's-Player-Verhältnisse ist das quasi mitten in der Nacht. Ja, ja, ja. Okay. Wie sieht's denn aktuell aus hier? Das wollte ich einfach mal ein bisschen verfolgen. Ähm. 1 von 115. Oh, siehste mal. Da mach ich noch ne zweite Strecke. Ähm. Da mach ich noch ne zweite Strecke. Erstmal Säge, Säge. Verarbeitung. Kreissäge. Mach ich so rum, ne? Wobei kann ich auch hierhin machen. Sieht, glaube ich, symmetrischer aus. Ja, mach ich dahin. Cool. Ähm. Und dann hier mach ich natürlich wieder... Die Dinger sind das, ne? Die, ja, von denen gibt's nur wenig. Okay, wir drehen das Ganze aber noch um. Förderband umdrehen. So. Und dann würde ich sagen, Förderbandgeräte. Ein Verbinder. Ja, das geht. Und noch ein Verbinder. So. Flup. Ja, das ist natürlich schlecht. Also theoretisch lustig, aber wir drehen das mal um. So. Okay, und dann verbinden wir das Ganze. Flups. Und flups. So. Prima. Sieht ja auch irgendwie schön aus, ne? Ja, der hier müsste jetzt andersrum eigentlich. Oder der müsste andersrum oder... Ja, 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 ist ja egal. Ich denke auch, dass du morgen um 9 Uhr wach sein wirst. Immer noch. Ja, wir gucken mal, wie der Abend verläuft. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie lange wir heute machen. Ich kann's nicht sagen. Wir werden's herausfinden gemeinsam. Vielleicht. Wenn noch jemand von euch ein bisschen wach ist. So. So. 10, 11, 12. Das läuft. 16, 17, 18. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wenn der Zug oben wieder kommt. Aber ich glaub, wir müssten in den Vorlauf geraten jetzt. Das müsste funktionieren. 12. Alles klar, funktioniert. So. Prima. Prima Klima. Prima Klima war übrigens mal... Eine sehr, sehr unbekannte Hip-Hop-Band aus den 90ern. Die auch... Echt nicht so gut waren. Ich glaub, die hatten nur eine Single draus oder so. Ein Track war irgendwie von denen bekannt, glaub ich. Prima Klima. Ich glaub, die habt ihr aber selber nicht so ernst genommen. So. Ähm. Ja, wollen wir erst mal jetzt bis hierhin belassen. Ich hab ja noch ein Paket zum Auspacken. Und danach können wir vielleicht noch mal irgendwas anderes spielen. Ich weiß nicht genau, wie lange das Band... Äh, wie lange das Band? Ich lese ja gerade wieder. Ähm, wie lange das, ähm, Unboxing dauert. Ne? Das war vielleicht mal ein bisschen Abwechslung heute ein bisschen. Ist nur ein Paket. Ich müsste dann aber ganz kurz in eine Pause gehen, weil ich muss erst mal holen. Ja, das ist gut. Ich schließe vorher noch Gehlenhausen an. Das arme Gehlenhausen hängt halt hier hinten immer rum. Aber ich kann mir den nix anschließen, weil die wollen Holz. Und ich kann ihnen kein Holz liefern, weil das Holz halt da hinten irgendwo ist. Ich müsste eine Bahnstrecke quer durchs Land bauen. Und das lohnt sich dafür nicht. Genau, das Stereo-Paket. Genau. Und ich hab noch keine Ahnung. Der Stereo macht immer besondere Pakete. Für Leute, die das schon mal miterlebt haben. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es sind immer sehr besondere Pakete. Ich lass mich überraschen. So, lieber Ehrenmeyer Kolben, viel, viel Dank. Was steht da? Kleines? Weiß ich nicht. Kannst nicht lesen, weil es zu klein ist. Es tut mir leid. Bitte nicht hassen. So. La, 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 la. Vergiss die Werbung in der Pause nicht. Habe ich das? Müsste gehen. Vielleicht. Da ist doch Holz in der Nähe. Wo ist denn hier Holz in der Nähe? Ach ja, das kann ich aber nicht. Theoretisch ja, aber das kostet halt 1,2 Millionen. Und bis ich das da angeschlossen habe, ist das Holz hier wieder weg. Glaube ich. Ja, für die Leute aus Gehlenhausen. So. Warum spielt eigentlich nur Games, die komplett out sind? Ach, PuppiCat. Ach, PuppiCat. Warum läufst du in jedem scheiß Trend hinterher? Das ist natürlich die Frage. Du kannst aber gern Fortnite läuft irgendwo auf Twitch. Viel Spaß. So, das Holz ist da unten 400 wert. Ja, noch. Aber der Preis wird sinken, sobald ich das beliefere. Der Preis ist jetzt gut. Aber, sobald ich das hier oben anschließe, Waldershof brauche ich. Und was brauche Waldershof? Oh, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir das bitten. Aber, oh, das ist natürlich eine Strecke. So. Wheel of Fortnite, Pockers. Bei langer Strecke bleibt der Preis oben. Ah, okay. Gut zu wissen. So. Das spielt es noch nicht mal draußen. Das ist richtig. Das spielt es noch nicht mal draußen. Jut. Ähm. Ach, Puppi. So geht es aber den meisten Puppi-Cat. Keine Sorge. Keine Sorge. Und ja, wir spielen hier öfter mal Indie-Games, die sonst nicht gespielt werden. Aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil die anderen Spiele, die viel gespielt werden, die spielen ja eh schon viele. Warum soll ich hier auch noch spielen? So. So. Easy. Baut doch erstmal einen vierspurigen Bus und Gegenbus rund um die Map rum. Das würde ich machen, wenn ich könnte. Oh nein, meine Nase kitzelt. Oh nein, meine Nase kitzelt. Ah, okay. Die Deutschland GmbH ist jetzt millionenschwer. Ja, aber gleich nicht mehr. Die nächste Mille, wir hauen gleich die nächste Mille in den Sack. Ist genauso wie mit der Deutschen Bahn. Wo einfach die ganze Zeit Steuergelder drin verschwinden. So. Und da muss man auch noch trotzdem dafür zahlen, dass man damit fährt. Und zwar horrend. Haare raufen. Ich brauche noch ein Haare-Rauf-I-Maut. Freischalten. Nicht genug Geld. Also gerade eben war es noch da. Wie es halt immer so ist. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Ähm. Na, 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 na. Bra, 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 bra. Ich wäre gerne da eine Augenbraue. Wieso ist das denn mehr Bewegung? Hoch, runter, hoch, runter. So, ähm. Ich bitte dich, die Gelder verschwinden nicht in der DB, sondern in den Vorstandsgehältern. Ja, nun. Hä? Äh, 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 äh. Was? So, okay. Wie viel? Ja, ich kann mir das ja mal trotzdem nicht leisten dann, ne? Ich muss, ich habe dann zwar Holz hier. Kann Holz da hin liefern. Kann theoretisch auch Holz hier hin liefern. Da sparen wir uns echt eine Strecke, aber wir müssen den ganzen Scheiß nochmal aufbauen. Und Kohle müssen wir dann von da unten... Da ist fett Kohle-Machingen. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Komm, wir machen das nächstes Mal. Wenn ich das jetzt wirklich noch anschließe, das dauert halt echt lange. Gemering kann Bretter gebrauchen, das finde ich toll. Wir können hier also theoretisch das gleiche bauen wie oben. Hier liefern wir die hin, da unten liefern Bretter hin. Ähm, das ist eigentlich super. Eigentlich. Da, 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 da. Hm. Mann, Steph, das mit deiner Mutter habe ich vorhin schon gelesen. Ich habe es extra nicht vorgelesen, weil die mich fett gedisst hat. Die alte Krähe. Deine Mutter fickt Vog... äh, pickt Vogelfutter, wollte ich sagen. Deine Mutter pickt Vogelfutter. Ups, Entschuldigung. Das war jetzt aber... Oh, ho, ho. Huch. Ähm. Deine Mutter pickt Vogelfutter in meinem Häuschen. Das wollte ich sagen. Entschuldigung. Da ist mir ein freudscher Versprecher wirklich aus Versehen unterlaufen. Der war wirklich aus Versehen. Ups. Ups. Nein, deine Mutter ist eine sehr respektable Frau. So. Ist wahrscheinlich die einzige Frau hier in Deutschland, die den Weihnachtsmann auch Santa Claus nennt. So. Ach, schön. Also. Ähm. Gut. Wollen wir uns bitte wieder alle beruhigen, ja? Können wir uns alle mal wieder beruhigen? So. Gut, das, äh... Gut. Das, äh... So. Dann, ähm... Was wollten wir gleich machen? Was wollten wir gleich machen in diesem jugendfreien Stream heute? Wir können hier Land kaufen. Das dauert aber. Wir machen das nächstes Mal, oder? Wir machen das nächstes Mal. Komm, wir machen das nächste Mal. Das dauert jetzt echt noch ein bisschen. Weil ich würde jetzt noch ein bisschen sparen wollen, damit wir hier noch ein bisschen so, ne? Und alles. Ähm... Aber wir verdienen gut Kohle. Also läuft eigentlich ganz gut bei uns. Pogelfutter. Ja, ich hab wirklich mit Pogelfutter angefangen. Ähm. So. Äh. So, also wir können hier gerne nochmal weiterspielen. Ist schön chillig. Ich würde gerne nochmal weiterspielen. Wäre, glaube ich, eher was für die Nachtschicht. Wir machen das später weiter. Kann ich auch speichern? Das ist die Frage. Es wird bestimmt gehen. Spiel speichern. Neun Spielstand erstellen. Brühl. Nein. Ähm. Ich nenne es Deutschland GmbH. So wie unsere Unternehmung hier auch heißt. So. Und wie man hier feststellen wird. In diesem Spiel ist die Erde eine Scheibe. Und wahrscheinlich auch eine Hohlerde. Deswegen passt das auch ganz gut. So. Ich schalte schon mal rüber. Auf den hier. Und verlasse das Spiel. Das ist die andere Musik wieder. So. Das Paket. Huch, wieso mache ich denn das jetzt? Äh. Wat? Wat? Ja, das müsste ich mir später mal angucken. Gut. Wieso habe ich jetzt die Mails aufgemacht? Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich die Gewohnheit. Eigentlich wollte ich ja das hier anmachen. Oh, das ist ja aber falsch. Äh. Fenster-Modus-Projektor. So, dann kann ich euch nämlich wieder lesen so ein bisschen. So. Er hat es beendet, das Spiel. Ja, ich musste. Ich musste. Es war sehr beruhigend, finde ich auch. Ähm. Ich bin erstaunt, er hat tatsächlich das Spiel beendet. Ja, unglaublich. Ähm. Ah. Au. Ah. Ich muss dieses Mikro hier noch ein bisschen anders einstellen. Dieses Bügel-Mikro, das knarzt mir noch ein bisschen die Ohren weg. Durchgespielt. Aber mal wieder, genau wie bei Anno, das erste Mal gespielt, nicht pleite gegangen. Ich wollte es nur sagen. Und die Geschäfte laufen. So. Vielleicht nicht bestmöglich, aber das ist auch egal. Sie laufen gut. Kann es sein, dass du mal deine Brille putzen musst, äh, solltest. Das ist völlig richtig. Das sollte ich wirklich. Black & White 3 ist scheinbar Entwicklung. Oh nein. Oh nein. Ich habe Angst. Denn Lionhead Studios existiert nicht mehr. Und Black & White ist in der Hand von EA. Ich freue mich also schon. Black & White Mobile. Aber Black & White 1 und 2. Oh Mann, die könnte man auch mal super spielen. Und nicht mal die Konkurrenz aufkaufen müssen. Ich bin begeistert. Ja, ne? Wirst du alt und bekommst du graue Haare? Nein. Ich, äh, ich bleibe jung. Aber die Haare ist bei mir, äh, die passen sich den Trends an. Als die Sache mit Reso war, vor dem Urlaub, ähm, da waren meine Haare oben automatisch blau. Meine Haare sind quasi wie so LED-Lichter. Die passen sich dann einfach immer, immer an. Das ist genetisch bedingt. Juhu. Hm, hm. Black & White mit Loot-Chest. Ja, wer weiß. Aber das heißt ja gar nicht mehr Loot-Chest. Es heißt doch jetzt, äh, Surprise irgendwas. War da nicht da dieses Begriff? Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich muss mir das echt nochmal merken. Surprise irgendwas, ne? Es ist schon 21 Uhr? Ich habe doch um 15 Uhr angefangen. Wo ist denn die Zeit? Surprise Mechanics. Das war es nämlich. Hm. Wir probiert es leider nicht ganz. Mhm. Ich finde, die Farben im Stream sehen echt gut aus. Licht macht sehr viel aus. Finde ich auch. Wir hatten vorher immer nur lila. Jetzt sind die ein bisschen anders farbig. Äh, wo ist denn das? Mal gucken, ob das funktioniert. Nein. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Warte mal. Hall. Na. Äh. Und sonst so? Oh Gott, jetzt. Okay, die ist ein bisschen krass. Die hatten wir gerade. Die hatten wir gerade. Das ist trotzdem ein bisschen hell, ne? Ich mache mal ein bisschen. Oder? Nein, ich lasse mal. Oh. 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 Okay, ich mache ein bisschen dunkler. Oh. Mein Gesicht lötet weg gerade. Aber ich glaube, das geht. Stimmungslicht ist wirklich wahr. Mhm. So, geht am Maschine wechseln bis nachher? Viel Erfolg beim Maschine wechseln. Guck mal, ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Hier unten ist einfach kein Sauerstoff drin. Also wenn ich dann gleich so eine Tobikstirne habe, dann weißt du Bescheid, ne? Gehst du jetzt auf? Nö. Nö, nö. Um Gottes Willen. Was ich aber gerne mal machen würde, ähm, was ich gerne mal machen würde, ich würde gerne was mit Zap Nautica probieren. Der Tobi ist ja da. Oh Mann, ich kann den Tobi gar nicht hinter seinem Rücken beleidigen, wenn der zuhört. Wie geht das denn? Ja, hat der gerade, hat der gerade Tobi stört. Ja, weil du in der, du hast ja immer in deinem Kabuff gehockt, weißt du noch? Und in deinem Kabuff war es immer mega warm und das war quasi immer, als wäre dein Kopf flaminiert. Weißt du so. Upsi. Ich dachte jemand, weißt du, ich dachte wenigstens jemand spielt in dem Ausschnitt wieder zu, hinten rum. Wie das immer so ist, da ist ja immer Blass drauf. So. Warte, 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 warte. Okay, warte mal, ich guck mal. Müsste gehen, ne? Warte, warte. Der Tobi. Warte, 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 warte. Okay, dann hau nochmal durch. Hau nochmal durch, Roxas. Warte, 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 warte. Äh. Okay. Ja, das glaube ich ganz gut nach dem Urlaub. Ja, ich glaube, das ist besser. So. Äh. Hat der Tobi noch was geschrieben? Entschuldigung. Ich habe mich gerade mit wichtigen Dingen beschäftigt. Ich hatte keine Zeit für Tobi. Nein, ernsthaft, hat der noch was geschrieben? Hat der Tobi noch was geschrieben? Huch. Äh. 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 100 pro sitzt der Tobi gerade unten im Kabuff. und bastelt. Oder? 100 pro. Und außen schreiben mir gerade alle dauernd Fleißsternchen in den Chat. Fleißsternchen. Blitzschutz. Ähm. Er sollte öfter hier sein, sagt er. Ja, ich, ja, ich brauche die Views, Tobi, bitte. Wäre schön, ich würde mich freuen. Ähm. Warum werden so viele Nachrichten gelöscht? Heute werden noch kaum Nachrichten gelöscht. Also. Sehe ich hier nicht gerade. Ich habe sogar gedacht, es werden viel mehr gelöscht heute. Aber tatsächlich, erstaunlicherweise kaum. Tatsächlich. So, ich würde ganz, ich würde ganz kurz gerne, ähm. Wir holen uns gleich das Paketchen. Ich würde nur gerne eine Sache vielleicht vorhin noch probieren. Mit, äh, mit Subnautica. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Denn, und das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Ich bin immer sehr vergesslich, was sowas angeht. Ähm. Das fiel mir gerade nämlich ein, dass ich die Lichter schön rumgewechselt habe. Ähm. Wir haben nämlich seit heute. Und ich muss eigentlich noch Buttons unten unter Dingens, aber die muss ich eh seit zwei Jahren machen. Wir haben nämlich seit heute, ähm, wir haben ja im Hintergrund die Lichterchen und so, haben wir ja immer rumlaufen und alles. Und die beiden habe ich eigentlich auch schon die ganze Zeit gehabt. Aber ich gehe immer gegen die Wand gemacht. Jetzt mache ich ihn mir direkt ins Gesicht. Wegen Ausleuchtung. Wir haben seit heute einen kleinen Deal mit Philips Hue. Und die Auflage für den Deal ist, ich könnte es mal in die Kamera halten. Aber die Auflage für den Deal ist eigentlich, darauf hinweisen, wenn jemand fragt. Also, wenn ihr fragen wollt, was das für Lichter sind, die wir sowieso schon die ganze Zeit benutzen, seit ungefähr, ich weiß nicht wie viele Jahren, ähm, der Hass und der Neid ist unendlich. Juhu, juhu, juhu. Schön. Die Auflage ist, hab Licht an. Das ist richtig. Was sind das für Lichter? Ich bin froh, dass ihr fragt. Es sind die unglaublich tollen Philips Hue Lichter, die ja auch tausend andere Streamer benutzen. Ähm, und da gibt es aber jetzt aber diese neuen, oh, die kann ich nicht zeigen, weil das Kabel zu kurz ist. Ich habe das hier alles ausbalanciert. Und, ach, kann ich das, ich kann das nicht zeigen, weil die Kabel zu kurz sind. Ich zeige euch das aber demnächst mal. Ähm, aber man sieht es ja, glaube ich, das sind diese neuen Playlichter nämlich. Und, pass auf, das wollte ich nämlich eigentlich mal mit Dingens probieren. Alter Neid! Ja, zu Recht. Die sind auch voll geil. Pass auf. Tobi! Oh, Erik, wo hast du denn diese fantastischen Lichter? Sind das aber die fantastischen Philips Hue? Ach ja. Und ein Part of the Deal ist, ich muss es richtig aussprechen. Also wirklich. Es ist wirklich wahr. Weil viele Leute wohl sagen Hue. So. Ja, es ist, äh, ja. Und, äh, deswegen auch. Das mache ich nämlich einfach über eine App hier vom Desktop aus. Wenn ich so mache, flop. Können wir schön Unterwasser-Streams machen. Aber da habe ich noch was Besseres. Das sieht ein bisschen aus wie... Ich sehe jetzt ein bisschen... Was ist mit meinen Augen los? Okay, cool. Ähm, ich weiß, ich kann das mal so machen. Okay. Philips Hue und Philips Rotte. So, warte. Ähm, ich würde nämlich gerne... Ich würde nämlich gerne... Äh... Eine Sache ausprobieren mit euch. Das ist die Synchronisierung. Ich kann jetzt hier auf den Button klicken. Synchronisierung. Ähm, okay. Das sieht gerade sehr weiß aus. Warte, warte. Wenn ich jetzt hier ausmache... Pass auf. Die werden sich... Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich mache hier erst mal kurz die Vorschau zu. Und jetzt habe ich gerade noch im Vordergrund... Guck mal hier, man sieht es. Habe ich Voxel-Takune. In den Farben. Das heißt, der synchronisiert sich hier vom Bildschirm. Und deswegen... Das wollte ich nämlich mit Subnautica probieren, weil ich glaube... Das ist jetzt der Desktop übrigens. Deswegen ist es weiß. Steam. Steam ist relativ dunkel. Okay, pass auf. Und jetzt probieren wir das mal. Und das würde ich echt gerne mal mit Subnautica probieren. So, warte, 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 warte. Äh... Subnautica. Das probieren wir mal aus. Warte mal kurz. Jetzt wird es hinter. Das war Fubar. Ich mach's mal kurz aus. Und wir spielen mal ganz kurz Subnautica. Mal gucken, was passiert. Oh Gott, die Kabel sind ein bisschen kurz. Mal schauen. Ja, für Horrorgames. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für Horrorgames will ich das gar nicht wissen. Mach mal ein Strobo-YouTube-Video an. Ist das über einen Sensor oder ist das eingespeist? Das liest ja vom Bildschirm ab. Das läuft über eine App hier, die ich auf Windows laufen habe. Und der checkt das. Ach so, spielen. Und der checkt das dann vom Bildschirm. Ich muss da kein HDMI durchschleifen, kein gar nichts. Ich habe einfach eine App mitlaufen. Ganz easy. Ähm, bam, 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 bam. Warte, 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 warte. Ich will Philips, äh, ich will Subnautica nicht lange spielen. Warte, warte, ich gehe mal kurz wieder auf Games. So, warte. Nein, jetzt habe ich, oh, Entschuldigung. Ich habe einen Browser aufgerufen, weil ich auf irgendwas gedrückt habe. So. Ach so, ist schon drin. Cool. Boah, ich weiß nichts mehr, ne? Spielen. Ich weiß aber gar nichts mehr. 17. April. Um 7 Uhr morgens. Alles klar. Okay, warte. Ich werde es auch nicht speichern. Glaube ich. Ich weiß halt nichts mehr von Subnautica. Aber ich will gleich das mit dem Paket machen. Ich wollte nur das vorher ausprobieren. Das war mir wichtig, weil bei, bei Voxel-Tycoon war, glaube ich, ein schlechtes Spiel, um das auszuprobieren. So, warte, warte. Ja, die Arbeit, äh, die Arbeit, die Zeit verfliegt halt wie Sau, ne? Drei Monate her, die Zeit verfliegt wie Sau. Ja. Ich weiß aber noch, dass du den Riffrücken umgebracht hast. Das ist richtig. Und wir waren aber irgendwie in dieser komischen Lava-Gegend jetzt, ne? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die Ladezeit ist normal, für Leute, die neu sind. Die Ladezeit ist normal. Huch. Oh. Hm? Ich schwitze. Oh. Kommt hier gerade so eine Frau mit einem dicken Pulli und einem Schal rein. Um einen kaputten Fuß. Ich glaube, Pan fällt auseinander. Wir haben aus Japan diese komischen Schwitztücher mitgebracht. Die sind ziemlich, die sind ziemlich krass. Alleine, wenn ich das nur anfasse, ist mein, ist mein Finger trocken. Guck mal. Warte, solange der noch lädt, mach ich nochmal ganz kurz hier. Ich gehe auf Talk. Guck mal hier. Stirn schwitzt. Wenn ich jetzt hier rübergehe, sieht man keinen Unterschied. Aber ich zeig das mal. Es ist echt ekelhaft. Man sieht es schon. Das sind diese Dinger, mit denen man sonst, glaube ich, die Pickel aus der Nase zieht. Das ist der gleiche Stoff, glaube ich. Und der trocknet einem die Stirn so sehr, dass man erst mal drei Stunden nicht mehr schwitzt. Bäh. Alter, da kommt aber ein ganz schöner, da kommt aber ein ganz schöner Rinderbullion runter gerade. Ah, lecker. Du schwitzt, brauchst du was? Lust? Ja, bitte fächeln. Fächeln Sie bitte jetzt. Oder hecheln. Lust zu hecheln. So, ah. Was ein Schmierlapp. Das gibt es aber auch noch in der Männervariante. Face. Kann ich in die Kamera halten, kann man ja eh nicht kaufen. Cool Type. Das ist für Männer, die frisch riechen wollen. Das werde ich bestimmt auf der Gamescom mindestens einmal morgens benutzen und dann nicht mehr. So. Ich werde das völlig motiviert mitnehmen und dann nicht mehr benutzen. Ist das ekelhaft. Oh, warte, warte. Oh, oh, oh. So, warte. Ja, es wird langsam roter. Die Lichter werden roter. Sieht man das auch? Wir hatten ja auch ein kleines Ruckelproblem, ne? Wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf das Rot zuschwimme, bin ich auch rot. Wenn ich hier in die Schwärze tauche. Achso, wegen dem Blau bin ich jetzt ein bisschen blau. Wenn ich jetzt auf Gelb gucke. Nur es langt nicht. Okay. Und wenn ich jetzt hier reingehe. Ich glaube, irgendwer hat mich gerade abgeschossen. Kann das sein? Okay, hier ist jetzt auch heller. Das ist irgendwie cool. Das ist super merkwürdig. Das ist irgendwie cool. Okay. Und wenn ich jetzt nach oben gehe und das Licht hier drin ausschalte. Wie ist denn das für euch? Also ich sehe das jetzt natürlich nicht mit der Kamera. Ich sehe gerade nur das Spiel und die Lichter hier links und rechts. Das links ist orange, das rechts ist blau. Weil links auf dem Bildpunkt gerade orange ist und rechts ist gerade viel blau. Ist das für euch auch cool, dass die Kamera sich anpasst? Ich kann es halt selber nicht beurteilen. Warte, wenn ich jetzt ausmache. Werden die Lichter aber auch dunkler. Voll cool, mega cool. Okay, das ist voll geil. Hier ist alles sehr orange. Ich bin jetzt auch sehr... Das ist ja cool. Jetzt sehe ich das gerade. Ich sehe aus wie Donald Trump. Ich bin eine Orange. Es ist glaube ich seitenverkehrt. Das liegt an der Webcam, glaube ich. Ich muss das auch mal beobachten gerade. Okay. Ich traue mich nicht rauszugehen, aber wenn ich jetzt hier anmache, dann werde ich auch heller. Aber es ist ja auch gut, wenn es hier nicht... Es flimmert ein bisschen, wenn ich hier durchgehe, flimmert es. Wenn ich jetzt hier aber auf blau gucke, bin ich blau. Wenn ich auf orange gucke... Oh ja, warte, gibt es hier mehr orange? Da bin ich orange. Blau, orange. Das, und jetzt blau und orange. Das ist super weird. Okay, das ist super weird. Grün. Ich will grün sein. Bin ich grün? Ah, nicht ganz. Ich bin schwarz. Warte mal. Es ist zumindest dunkler geworden. Äh, das ist so ein komisches Viech. Okay, ich muss, glaube ich, eben ein bisschen was essen, ne? Wie war denn das nochmal? Äh, wie war denn das nochmal? Marmelmelone einsammeln. Eine. Ah, nee, ich muss erst mal so. Und dann kann ich Beetkasten benutzen. War das so? Okay, flupp. 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 Huch. Ah ja. Und jetzt nochmal schnell essen. Und wie immer drück ich auf Escape. Ähm. Hatten wir nicht auch irgendwo noch Verbandskästen hier? Hatte ich da nicht auch irgendwo, irgendwo einen Automaten hingesetzt? Ich weiß gar nicht wo. Oder war der unten? Hatten wir Verbandskästen? Man sieht's auch im Hintergrund. Oh, das ist aber gut. Ach stimmt, hab ich noch gar nicht. Oh ja. Stimmt, die Lampen hinten am Sofa, die schalten sich ja auch alle um. Blaue Lampen. Orange Lampen. Cool. Die Übersetzung gerade bei Voxel-Taikyum war sehr gut. Die war wirklich sehr gut. Bis auf das eine. Aber da ganz ehrlich, das zählt ja gar nicht. Die war super. Den hatte ich wieder abgebaut. Ja. So. Nein, nein, ich spiele nicht weiter. Ich wollte mich nur ganz kurz vertraut machen, wenn wir weiterspielen. Nein, ich will mich nicht vertraut machen. Tools. Nein, Spindname will ich nicht bearbeiten. Tools. Ah. Medikit. Ah. Benutzen. Dankeschön. Und dann wieder verlassen. Und dann wieder verlassen. Der hatte mich abgeschossen, ne? Du Arschloche. Ich grill deine Mutter. Alter, wie viel frisst denn der? Ah ja, der hat gerade mal Feuer spucken wollen. Aber der hält ganz schön was aus, ne? Der will doch gleich wieder Feuer spucken. Hatten wir irgendwas besseres als das Messer? Ne, ne? Ja, die Webcam ist immer noch klein, ich weiß. Es ist nur spiegelverkehrt. Okay, da müssen wir gleich mal gucken. Was macht der denn da unten? Suht er sich im Dreck? Ja, da muss ich mal zoomen. Chakazulu. So. Okay, hält dieses Lavawesen vielleicht mehr gegen die Lavaklinge aus? Das weiß ich nicht. Aber wir haben ja keine andere Klinge mehr. Wir konnten nur ein Upgrade machen. Wie kam ich hier nochmal rein? Es ist so lange her. Ich weiß das alles nicht mehr. Hier ist eine Kamera. Da unten ist auch eine Kamera. Ach ja, wir mussten ja von unten irgendwo rein, ne? Ne. Hä? Da muss doch irgendwo ein Bullenauge sein. Wo hab ich denn die Eingang hier? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wieder drei Monate her. In unserer kleinen Lavabase. Bitte nicht die Cam spiegeln, das ist doof. Ne, die Cam wird automatisch gespiegelt. Also wenn du die Cam irgendwie irgendwo einbaust. Sag mal, hatte ich hier keinen Eingang? Ich, oder bin ich zu doof, den zu finden? Wir waren gerade am Bauen, aber ich hab doch bestimmt einen Eingang gebaut, oder? Ich hab keinen Eingang gebaut. Hier ist die Kamera. Hier ist auch kein Bullauge. Wollte ich einen Eingang bauen, hatte kein Glas mehr. Habe ich wieder gesagt, Zukunftsgrund kümmert sich? Ja, ist es wieder das? Ist es wieder das? Da ist kein Eingang. Das ist nicht so gut. So. Ja, das ist nicht so gut. Okay. Gut. Ach ja, wir hatten ja zwei, drei Spinde. Ja, wir hatten ja zwei, drei Spinde. Ah. Ach ja, ich drücke mal Escape. Na gut. Gut, ich wollte es gerade nochmal testen. Das ist schon mal, es ist aber sehr schön, dass es funktioniert. Ich find das sehr gut. Cool. Dann, äh, werden wir, glaub ich, die nächsten Spiele... Ich bin bei Horrorspielen gespannt, wenn da was aufblitzt oder so. Vor allen Dingen, das ist ja für euch dann nicht so, aber wenn ich hier spiele und im Horrorgame blitzt was auf, dann blitzen die Lampen ja auch auf. Das heißt, der ganze Raum blitzt dann auf. Ich glaube, das wird furchtbar. Ich glaube, das wird ganz furchtbar. Okay. Mhm, 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 mhm. So, ich geh mal, ich geh mal wieder raus. Ich wollte es hier nochmal testen. Es funktioniert sehr gut. So, ich glaub, da haben wir jetzt nicht viel gemacht, ne? So. Es funktioniert sehr gut. Da hilft nur eins testen. So, lieber GetEyran. Dankeschön, lieber GetEyran. Viel, viel Dank. Ich muss mich doch bedanken. Holst du dir noch ne Backcam für in den Raum? Wäre cool für den Pausen. Na, wir haben ne Sofa-Cam eigentlich, aber die ist grad nicht angeschlossen. Die steht grad hier. Das sind übrigens die Kameras, die ich mal verwende. Auch die aktuell gerade hier als... Toll, die sieht man gerade richtig gut. So. Ich benutze dafür die offizielle... Die, die Hue Sync heißt die. Ist ne offizielle Philips-App. Die benutze ich dafür einfach. Also muss sie einfach runterladen, installieren, fertig. Mehr muss ich da auch nicht machen. So, geh wieder in den Talk-Bildschirm. Und dann mach ich die Lichter aber erst mal wieder auf. Ich stoppe mal die Synchronisierung und mach die Szene wieder auf hier. Und ich würde gerne noch eine Sache probieren, wenn ich jetzt nämlich mit einer anderen App... Ich weiß auch nicht, ob das geht. Wir testen das mal. Weißt du was? Wir testen heute. Ich hab ja gesagt, ich werd euch heute ein bisschen gebrauchen für Tests. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar muss ich jetzt... Ah, die Namen hier sind noch alt. Das kann nicht funktionieren. Das ist ne inoffizielle App. Die hatte ich früher mal. Oder kann es doch funktionieren? Ich weiß es nicht genau. Hier. Da. Und das. Das müsste eigentlich reichen. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Geht das da hinten? Ja, ja, ja. Sieht man das? Sieht man das ein bisschen? Okay. Warte. Ich mach nochmal... So. Ich glaub, jetzt sieht man es besser, ne? Oder? So. Das ist ne inoffizielle App. Die hab ich mir einfach so gezogen. Die hatte ich schon mal. Dass wir da hinten einfach Farbverläufe im Hintergrund haben. Damit die nicht immer dieselben Farben sind. Also. Einfach. Scheint zu klappen. Ich wollte die beiden vorderen Lampen nämlich so lassen, wie sie sind. Und nur hinten faden. Das funktioniert auch. Ja, und es gibt auch richtig schnelle Farbwechsel. Die mach ich jetzt einfach mal nicht. Wird die U-Bridge eigentlich benötigt? Ja, aber der läuft alles zusammen. Also ich hab... Im Haushalt haben wir... Ich weiß nicht, wie viele. Wir haben im Wohnzimmer Philips U. Die Witcher-Statue wird inzwischen angeleuchtet von Philips U. Ähm. Wir haben hier im Studio mehrere. Die Tati hat oben auch welche. Und wir haben halt eine Bridge für alles. Ne? Also eine Bridge hier verwaltet bei uns alles komplett. Man kann auch pro Raum irgendwie. Aber das brauchst du halt auch nicht. Ja. 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 So. Dann. Dann, 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 dann. Hab ich U mit Alexa verbunden. Ist echt nice. Hab ich auch. Aber die hab ich hier momentan abgeklemmt. Deswegen mach ich jetzt alles momentan hier über... Ich hab das grad über Streamlick XXL. Das heißt, ich kann jetzt einfach an- und ausmachen. Ist das nicht zu viel Kabelei? Nö. Das geht. Ich hab... Also die Kabel hinten am Sofa sind tatsächlich ein bisschen zusammengesteckt. Äh. Da ist eine zentrale Leiste dafür. Und ansonsten kommt's ja immer drauf an, wie du... Ach, hier seh ich auch gerade beim Melikus. Gehen 50 Lampen. Beziehungsweise Endgeräte gehen an eine Bridge. Ach so, das ist Maximum wahrscheinlich. 50 Endgeräte an eine Bridge. So, wie heißen die Hue-Leuchten, die du gerade benutzt? Also ich hab hier die Hue Play. Zwei in einem Paket. Links und rechts hab ich hier. Ähm. Die beleuchten mich hier grad so komisch für die Kamera. Und da hinten hab ich eine... Ich weiß nicht. Eine Glühbirne. So eine, äh... LED-Powerstrip. Ich weiß nicht genau. Also so eine LED-Lichterkette. Und das da hinten ist einfach so eine... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm. Die man auch zum Aufwecken. Diese komischen Lampen einfach. Diese Leselampen, die so halb rund sind und dann abgeschnitten. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die hätte ich mir auch alle selber geholt. Und die hab ich von Philips bekommen, die hier vorne. Ähm. Ansonsten der Rest... Die restliche Beleuchtung hier im Haus ist quasi alles selber geholt. Weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht, damit rumzuspielen. Auch im Wohnzimmer und so. So, davon abgesehen. Ach ja. Und eine haben wir noch in der Küche. Unter der... Äh... Unter der Arbeitsplatte. Da drunter. Und wenn man das rot einschaltet, sieht's ein bisschen pornös aus. Aber es sieht wahnsinnig cool aus mit der Küche. So. Gut. Mach mal wieder den Filter aus. Vielleicht sieht's nicht ganz so gematscht aus. Was heißt denn hier gematscht? Das ist doch alles... Oh, ich hab was. Ich hab einen Fehler gemacht. Das ist doch alles extra so. Hab ich jetzt... Was heißt denn hier gematscht? Ach so, weil ich die Farben hier ein bisschen rausgenommen hab bei mir. Aber das liegt einfach... Das liegt einfach wegen der... An der Cam. Warte mal. Wenn ich jetzt hier... Ich guck mal ganz kurz Filter. Ich hol gleich das Paket, ne? So. Das ist die Farbpracht, die hier normalerweise herrscht. Ich hoffe, man sieht's jetzt besser. Gut, vielleicht nicht. Warte. So. Das sind die natürlichen Farben. Was ist das denn? Hier ist so ein Barthaar, was immer so hoch steht wie bei so einem... Als würde ich gleich Zorro spielen. Also... Ich weiß nicht, ob's so besser ist. Kennst du Nanoleafs? Ja, das haben ja alle. Und die Nanoleafs sind echt scheiße teuer. So ist auch schön. Ich finde, so ist es nicht übertrieben. Was haben wir hier noch? Nein. Ach, das war Chroma Key. Das hier. Ja, das hier. Das ist auch ganz gut. Auch ein... Ja. Oder so. Ich finde, so kommen die Farben halt einfach noch besser raus. Weil mit dem... Mit dem Licht, was da hinten so selbstständig ist, das ist gruselig ein bisschen. Und dass meine Haare von hinten angeleuchtet werden... Hä? Meine Hände auch. Hä? Ist ja auch wie ein... Ist ja auch wie ein Effekt um meine Hände rum. Hä? Hä? Okay. So. Na gut. Ich mach hier erstmal wieder... So ist auch schön. Das hatten wir für irgendwas. Ich weiß nicht genau, wofür. So. Ist es so besser? Nein. Nein. Ist das so vielleicht besser? Ja, ne? Ich hatte das noch von der anderen Beleuchtung alles eingestellt. Aber ich glaube, so ist es vielleicht besser. Mein Shirt ist zu bunt. Nein, mein Shirt ist genau richtig bunt. Finde ich. Okay, dann lasse ich die Kamera so. Auf dem Bildschirm sind die Farben leider falsch eingestellt. Da sehe ich einfach aus wie eine Tomate. Aber immer. Gut. Dann würde ich ganz kurz eben mal das Paket holen. Das würde ich, glaube ich, mal machen. Ich mache mal wieder Musik an. Ist es sonst so trist hier? Ohne Musik. Ah, ne. Ich mache ganz kurz Pause. Wir machen zwei, drei Minuten Pause. Übrigens, das ist die Kamera. Das wollte ich nochmal zeigen. Toll, dass die Kamera sich selbst so gut reinzoomt. Schön. Da habt ihr die mal alle gesehen. So sieht die aus. Das sind die Kameras, die ich verwende. Aber leider ist die nicht ausgeleuchtet. Oh, jetzt war sie gerade. Äh. Ja, die ist leider gerade im Dunkelbereich. Die wird nicht angeleuchtet. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, die benutze ich hier immer. Die sind sehr gut auch für Vlogs unterwegs, wenn man denn welche aufnimmt. Nicht so wie ich. Dafür sind die halt echt super. Und natürlich hier als exorbital teure Webcam. Aber ich habe mir die eigentlich für Vlogs geholt. So. Schmeiße auch mal Werbung rein. Ich schmeiße jetzt Werbung rein. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hole eben das Paket. und ich gucke mal ganz kurz eine Sony. Ich schaue mal eben. Was ist das für eine? Äh. Ich vergesse immer die Bezeichnungen. Wo steht denn hier drauf? Ähm. Hier steht nur Sony drauf. Hier steht aber, ich finde keine Bezeichnung. Sony, Sony. RX104. Es ist eine RX104. So, die ist das. So, ich hole mal ganz kurz eben, ähm, ihr wisst Bescheid. Ich hole mal ganz kurz eben das Paket. Und gleichzeitig hole ich mir vielleicht mal ganz kurz irgendwas Kleines zu essen. Irgendwas Kleines zu essen. Ich weiß noch nicht genau, ob irgendwas Kleines da ist. Ähm. Ich schaue mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Zwei, drei Minuten, dann sehen wir uns wieder. Ähm. Bis dahin legen hier wieder ein paar DJs auf. Wir haben extra welche gebucht. Ähm. Die müssten hier sein. Jawohl. Ist ja alles, ne, Streamlink, alles umgezogen hier. So. Schaffen wir nach dem Paket noch ein Spielchen. Je nachdem, wie lange das Paket dauert. Und je nachdem, wie ich danach aussehe. Aber ich glaube, wir schaffen das. Dein halbes Gesicht ist knallrot. Ja, ich schwitze einfach. Und ich bin beschämt. Wegen mancher Aussagen im Chat bin ich einfach immer beschämt. Also aus Prinzip. Nicht, ob die schlimm sind oder so, das ist mir egal. Ich bin aus Prinzip beschämt. Weil ich weiß, da kommt gleich wieder irgendwas Zweideutiges. So. Pass auf. Pizza aber mit Rosinen. Weißt du was? Du kannst auch mal kacken gehen. So. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann packen wir Paketchen aus. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich das in die Kamera kriege. Wäre vielleicht besser, wenn ich die Kamera hinten angeschlossen hätte. Habe ich aber gerade nicht. Ja, ist nicht so gut. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Zwei, drei Minuten. Bis dahin. Genießen Sie bitte unser Dancefloor-Programm. Bis gleich. Da geht sie wieder los, die Sause. Meine Fresse. Haben die heute wieder Dubstep aufgelegt, die beiden. Schön. Schön, schön, schön. Dann bitte jetzt mitschunkeln. Bisschen abtanzen. Vielleicht selber was holen. Ja, Pipi-Kacka-Time. Und ich hole mir eben schnell das Paket. Und vielleicht noch ein bisschen was zu essen, weil ein bisschen Hunger habe ich auch. So, und jetzt erst mal die Werbung für Leute, die Sie sehen. Bis gleich. Moment. Achso, ich muss das Mikro ausmachen. Äh, wo geht denn das jetzt? Ich lass an. Lassen Sie mich, sein Sie nicht gehetzt. Bitte lassen Sie doch mal ruhig sitzen. Suchen Sie in den Sofa ritten. Nach Cola, nach Popcorn, nach lecker Süßkram. Höh, super. Uff. Uff. Lassen Sie mich Zeit, seien Sie nicht gehetzt. Bitte bleiben Sie doch mal ruhig sitzen. Suchen Sie in den Sofa ritten. Nach Pommes, nach Cola, nach Popcorn, nach lecker Süßkram. Jeder mag, jeder mag Süßkram. Süßkram ist immer gut. Knoppers, Twicks, Maßriegel und all die leckeren Sachen. Ich bin sicher, einmal reinbeißen, werden wir Ihnen Freude machen. Pause, Pause, Pause. Pause. So. Pause, Pause. Klein, kleine Pause. Dein Mikro wieder an. Äh, so. Geht los. Pause, kleine, kleine Pause. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Oh, Landvogt, ich kann gerade nicht sehen, wer hat denn da? So. So, wer hat denn da? Ich konnte es gerade nicht sehen, Entschuldigung. Mikro war die gesamte Zeit an. Ich weiß. Ich weiß doch, dass Mikro noch an war. Oh Gott. Dieses Paket, ne? Die Gemüte ist gut. Die Gemüte ist gut. Die Gemüte ist gut. Puh. Tünen zu supergüte. Dieses Paket, ne? Äh, Stereo. Hast du? Äh, ich mein, sind da Steine? Sind da, ich, ich, was ist denn da? Ähm, ich habe übrigens nichts, wir haben, wir haben nichts zu essen hier. Ich konnte mir nichts zu essen. Also, wir haben schon, aber hätte ich jetzt zubereiten müssen. Ja, wir haben Holzfäller-Steaks, haben wir noch da. Liebe Veganer, bitte kurz weghören. Ähm, aber leider nichts, was ich mir jetzt kurz im Stream mal irgendwie verschnabulieren könnte. Deswegen werde ich jetzt meinen Bauch mit Wasser füllen. Mh, mh, mh. Toll. Toll. Mh, genau mein Geschmack. Lecker. Mh. Oh, Wasser. Juhu, Mops-Challenge. Leck mich doch am Arsch. So. Klingt ja nicht so gesund. Naja, ist halt Wasser, ne? Da ist ja alles drin, was man braucht. Steine ist nah dran. Oh Gott, das Wasser sah trüb aus. Ne, es ist nur aus dem Kühlschrank gerade, deswegen beschlägt der Becher gerade. So richtig frisch, wie in der Coda-Werbung. Ähm, nur halt mit Wasser. Okay, ähm. Ich muss dieses Paket jetzt hochheben, ne? Äh, ich hasse... Es ist sehr klein. Es ist winzig. Es ist quasi winzig. Und vorne druf. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Ist ein Dembeleckzeichen. Und da bricht aus. Und da steht noch, man darf es nicht aufschneiden. Ich hab's aber vorab schon geöffnet. Es ist kleiner als gedacht. Oh Gott. Ähm. Oh Gott. So. Oh Gott. Alter. Start zuerst liest mich. Also, ganz kurz, ne? Damit ihr wisst, worum es geht. Ähm, Erik macht Sport. Das ist richtig. Darum geht's. Darum geht's. Es ist voll mit allem. Plus eine Anleitung. Ich weiß noch nicht genau, was es diesmal ist. Wir werden's gleich gemeinsam herausfinden. Ich werde alles natürlich wieder in die Kamera halten. Ähm. Und Umschlag eins. Und falls ihr euch erinnert. Liebe Mr. Bean, danke schön, liebe Mr. Bean. Start zuerst liest mich. Falls ihr euch erinnert. Das letzte Paket von Stereo war ja das Fallout-Paket. Und da war ein Pen & Paper drin. Und wir haben einen Stream lang komplett Pen & Paper gespielt. Und das war... Das war schon sehr krass. Das war schon sehr krass. So. Und jetzt, ähm... So. Ich öffne mal kurz. Das Start... Den Startumschlag. Das war so gut damals. Ja, das war mega. Das war echt mega. Der Startumschlag. Ich bin gespannt. Alter, das ist so saufwendig. Mann, was ist denn los mit den Jungen? Es ist diesmal in Zusammenarbeit mit Deadly League, soweit ich weiß. Deadly League kennt ihr ja. Von Edna bricht aus. Und, äh, Harvey. Und, äh, Deponia. Und inzwischen ungefähr 50 Millionen anderen Spielen. Deadly League hat sich die letzten Jahre, seitdem wir Edna damals gespielt haben, hat sich Deadly League ein bisschen gemausert. Hat zwischen, glaub ich, zwei Standorte. Ähm, Vollbild. Ähm, äh, Vollbild? Hab ich sowas wie Vollbild überhaupt? Also ich kann Vollbild machen, aber da wird nichts mehr angezeigt. Also wirklich gar nichts anderes mehr. Ich hab leider diese Dingens... Die Herzcam hab ich nicht mehr. Wisst ihr noch, welche ich meine? Oder hab ich den... Oh, warte mal. Mal gucken. Aber die ist auch nicht größer. Die, die Cam ist genauso groß wie sonst immer. Ich glaub, das geht. Also ich, ich glaube, da können wir auch den normalen Talk-Bildschirm nehmen. Der ist ja inzwischen... Der ist ja inzwischen anders. Wir können aber auch, wenn ihr euch da vielleicht heimischer fühlt, können wir natürlich auch das hier nehmen. Vielleicht ist das ja für euch... Vielleicht fühlt ihr euch hier mehr zu Hause bei diesem Layout. Man weiß es nicht genau. So. Verstehe ich nicht. Ich verstehe dieses Layout nicht. So. Ach ja. So. Okay. Aber ganz ehrlich, die Cam ist hier genauso groß wie drüben. Also es macht keinen Unterschied. Wir haben früher ja immer damit Unboxings gemacht. Es macht da wirklich sehr wenig Unterschied. So. Okay. Ähm. Ich lese erstmal vor. Ja, ich verlese das erstmal. Und das Gute ist, das Gute ist, ich muss jetzt nicht mehr immer in dieses Mikrofon irgendwie so... Sondern ich kann jetzt einfach mit dem, mit dem Bügelmikrofon, das ist schon mal ganz gut. Äh, Stereo. Ich muss, ich soll das vorlesen, ne? Glaub ich. Was? Oh, okay. Warte, warte, warte. Mach ruhig. Okay. Moin Gronkh. Alles gut bei dir? Ich hoffe es einfach mal. Es wurde mal wieder Zeit, dir etwas zu schicken. Und diesmal bin ich nicht allein. Nein, Dedalick hat sich gerne an diesem Abenteuer beteiligt. Äh, als ich das wusste, habe ich mich für das Thema bewusst auf einen kleinen, Klassiker konzentriert, welcher dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Und nachdem sich Alex Grimm bereit erklärte, in seine Rolle als Harvey zurückzukehren, beteiligten sich auch immer mehr Originalsprecher, von denen ich lieb grüßen soll, vor allem von Aliane Diehl. Brrrr. Was hast du getan? Was hast du getan? Was? Aber wozu brauche ich Sprecher, fragst du dich nun vielleicht. Nun. Wir haben ein kleines Spiel für dich erstellt, welches auf dem USB-Stick enthalten ist. Mit mir ist gerade der Zettel aus der Hand gefallen. Man hat es nicht gesehen. Dieses brauchst du nicht zu installieren und kannst es einfach so starten. Ein extra Spiel? Ich bin froh, dass ihr nicht übertreibt. Okay, gut. Ein extra Spiel, klar. Warum ja auch nicht, ne? Das macht man ja mal so nebenbei. Ein weiser, beräderte Mann sagte dazu, jag ruhig über diverse Virenscanner, da ist nix drin. Bevor wir uns ins Spielevergnügen stürzen, muss ich jedoch gestehen, dass ich auch etwas mitgeschickt habe, das man eigentlich nicht senden soll. Mein Gedanke war, was schickt man einem Mann, der bereits alles hat, außer einer 1 zu 1 Forderdrüstung? Genau, etwas für andere. Oh. Oder ein Hashtag Modsloben denkend. Hashtag Modsloben denkend. Habe ich etwas für die Mods gemacht und kurz danach mitbekommen, dass das bei euch wohl nicht üblich ist? Hä? Für die Mods was machen? Nee. Nee, bei uns ist das ganz unüblich. So, das ist passiert bei uns nie. Diese Schmaraudzer, diese Mods, die können den ganzen Stream kostenlos gucken. Wo kommen wir denn da hin? So. Ähm, gut. Von daher, hasse mich bitte nicht. Zumindest wird es nicht schlecht. Okay, ich bin gespannt. Ähm, diesmal ist wenig selbstgemacht, da genug beigesteuert wurde und es gibt auch keine Rätsel. Auch fast schade. Aber wahrscheinlich wäre es uns auch zu lang gewesen. So. Stattdessen wirst du neben dem PC-Spiel ein Kartenspiel finden. Das ist hier, das Kartenspiel. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ähm, ähm. Wobei dir erst im Spiel gesagt wird, wann du was ziehen sollst. Im Übrigen, ja, es ist beabsichtigt, dass der beiliegende Kartenstapel mit der Zahl 3 beginnt. Du wirst schon sehen. Es macht mir immer wieder einen Riesenspaß, solche Pakete zu packen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich das gerne ein Leben lang machen als Beruf. Da hat man, glaube ich, letztes Mal drüber gequatscht, als wir bei dem Fallout-Paket, glaube ich, am Ende. Ich glaube, man müsste so etwas vielleicht anderen Publishern mal anbieten, irgendwie. Mit Deadly, scheint es ja funktioniert zu haben. Ich glaube, wir haben auch darüber letztes Mal geredet. Mit Deadly hat es offenbar funktioniert. Aber ich fand halt, das Fallout-Paket fand ich schon so krass, dass ich mir sicher, ich bin mir ja hundertprozentig sicher, bis Hertha hätte das unterstützt. Das gibt mir immer wieder zu denken. So, warte, warte, warte. Okay. Es gibt einfach kein schöneres Gefühl, als diese kindliche Freude in den Augen des Beschenkten zu sehen. Hä? Die Freude, die Neugier, das Wundern, die Fassungslosigkeit und auch das Lachen, wenn mal irgendetwas albern ist. Natürlich ist, wie auch bei den letzten Projekten, nicht alles ernst gemeint, das hier enthalten ist. Manches musst du vielleicht mit einem Augenzwinkern sehen und bei anderen Dingen, zum Beispiel, warum liegt dieser Gegenstand in einem Bett? Kann man es vielleicht darauf schieben, dass es eine Anstalt voller Beklopter ist? Es ist also, es ist also wirklich ein Edna angelehnt. Es ist quasi ein Edna-Spiel. Oh, Alter. Also ich bin, oh, 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 man. Okay, warte, 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 warte. Was soll ich sonst noch groß erzählen? Normalerweise danke ich immer den, die sich beteiligt haben, weil das folgt noch im Spiel. Außerdem sind meine Zeilen doch eh interessant, oder? Ne, finde ich nicht. Hier geht es ums Zocken. Also los. Junger, dynamischer Gronkh. Ich habe das, das steht hier so. Das steht hier, original junger, dynamischer, sehr gut aussehender Gronkh. Erzähl uns eine Geschichte. Eine Geschichte von Edna und Harvey. Das Einzige, was wir brauchen, ist die leistungsfähigste Grafikkarte der Welt. Unsere eigene Fantasie. Liebe Grüße, dein Stirio. No. So, PS. Oh, sag mal, hätte Pan vielleicht wieder Lust auf einen Adventskalender? Ja, das Jahr ist noch jung, aber wenn es wieder ein Gruppenprojekt wird, hallo Pan, falls du gerade zuschaust, dann fängt man damit lieber früh an. Wer mitmachen möchte, bitte bei Twitter melden. Hast du at der Stirio bei Twitter oder at Stirio? At der unterstrich Stirio. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. So. Und Edna, ja, Edna. Ich musste gerade nicht denken, ob du auch zuguckst, tatsächlich. Habe ich gerade gedacht, wo ich hier, aber die leistungsfähigste Grafikkarte, das heißt, wer jetzt ein Adventure erwartet, wie Edna bricht aus, das wird es wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich eher wieder in Textzeilen stattfinden, werde ich vermuten. Ach, wir haben ja auch Sprachausgabe. Oh Gott, dieser Übertreiber. Okay. So, ne, 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 ne. Wenn du vielleicht mal ein bestimmtes Projekt von mir bekommen möchtest, nenne mir doch bitte ein Thema, einen Film oder ein Spiel, nach dem ich mich richten kann. Ich habe mal eine Frage. Jetzt mal, jetzt mal ganz, äh, auf Twitter StirioLP. Ich kenne die ganzen Twitter-Handles nicht ausfindlich, nicht böse sein. StirioLP auf Twitter. Ne, falls ihr bei der Pan mitmachen wollt, beim Adventskalender StirioLP auf Twitter. Ähm, ich habe mal eine Frage. Der Stirio ist ja auch gerade da. Wollen wir vielleicht sowas? Der Stirio will das ja beruflich machen. Oder würde es gerne, und das ist sein größter Traum, wollen wir sowas ab und zu mal vielleicht gemeinsam in Auftrag geben zu bestimmten Spielen oder Sachen, die euch, die mich, die uns, die interessieren? Ich lese hier gerade schon, äh, Witcher, Monkey Island. Boah, Alter, ein Grim Tales-Paket. Psch, oh, ein Grim Tales-Paket. Ich kotze jetzt schon. Oh Gott, huch. Ich bin gerade an den Tisch gekommen, da war kurz das HDMI-Signal weg. Das mit dem Grim Tales-Paket war keine gute Idee. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Gewitter! Aber richtig laut. Tobi hat gepupst. Dein Bauch war sehr laut. Alter, was ist denn da draußen los? Also, wenn hier gleich alles weg ist, also wenn der Stream gleich endet, abrupt, äh, Gewitter! Boah, das ist voll geil. Das finde ich, das finde ich wirklich eine schöne Idee, wenn wir das ab und zu mal machen. Ich weiß natürlich nicht, wie oft, weil wir streamen ja eigentlich nur viermal, äh, das war die Zustimmung von oben, wir streamen ja eigentlich nur viermal im Monat und die Pakete müssen natürlich auch nicht so aufwendig sein, wie bei Fallout so, aber, das ist eigentlich echt eine geile Idee. Das finde ich wirklich eine tolle Idee. So, manche Rollen haben sowohl Community als auch Originalsprecher. Falls du wechseln möchtest, findest du den Button im Menü. Klar, machst du auch halt noch aufwendiger, ne? Warum nicht? Dieser Mann ist einfach unglaublich. So, okay, hier ist der USB-Stick. Hab ich... Oh, ich muss mal... Ich kann das Gamepad abschließen, alles gut. Hier ist Edna und Harvey, das hab ich tatsächlich. So. Ein Wort vorab. Hier steht... Also hier, ich mach mal Werbung hier, guck mal. Das ist der Edna und Harvey Comic und das Spiel ist auch dabei. Das klemmt hier hinten quasi drin. Da ist das Spiel dabei. So. Da kann ich mal... Okay, hier ist alles sehr dunkel gerade. Sie lügen. Hier, guck mal. Das ist der Comic. Für Leute, die den noch nicht haben und für Leute, die Edna und Harvey noch nicht kennen, ähm, unbedingt gucken. Also, äh, unbedingt spielen natürlich. Entschuldigung. Irgendwie der Let's Plays gucken oder natürlich, äh, kauft lieber die Spiele. Die sind inzwischen... Der Leg haut die, glaub ich, überall eh für einen Cent, für Centpreise raus inzwischen. Äh, und die lohnen sich halt wirklich. Also, wirklich, wirklich. Ähm, ich glaube, ich glaube, Edna und Harvey, also Edna bricht aus und Harveys neue Augen gehören, glaub ich, definitiv zu meinen Lieblings-Adventures. So. Wer es nicht kennt, sollte sich vor allem schämen. Naja, das nicht unbedingt. Die sind ja auch schon ein paar Jahre her inzwischen tatsächlich. Aber Beispiele sind einfach unglaublich gut. Unglaublich gut. Und das sag ich nicht nur, weil ich Poki verehre. So. Gut. Ähm, ich muss jetzt den USB-Stick erstmal einplöpsen. Ich hab ein Kartenspiel, ich hab den Comic, ich hab den USB-Stick. Den Brief tu ich erstmal beiseite. Und das Paket muss ich erstmal... Ich darf noch nicht gucken. Das Paket muss ich erstmal auf den Boden packen. Ich kenne es nicht. Ähm, schau gerne, schau... Also hol es dir gerne bei Steam oder wo auch immer. Die sind ja echt super günstig zu haben. Meistens auch in den Adventure-Paketen von Daedalic. Ähm, oder halt Let's Play gucken und dann feststellen, oh, ich hab mir die Spiele vielleicht selber kaufen sollen und spiele das lieber selber. Das geht beides. So, okay, warte, warte, warte. Ich stell mal ganz kurz, ähm... Ich... Das Paket ist so schwer. Ich... Es ist eck. Boah, das ist echt schwer. Das Gewitter. Es passt einfach zum Setting. Es passt einfach zum Setting. So... Bei dem T-Shirt wusstest du, dass es ein Ender-Paket ist? Nein, das T-Shirt ist... Ach, wegen Shibuya. Oh! Ja, daran hab ich nicht gedacht gerade. Oh! Ja, das ist aber unabhängig davon tatsächlich. Gut. So. Excalibur. Ich muss mal ganz kurz das Gamepad abziehen. Vielleicht macht's düddelüm. Kein düddeldüm. So, okay. Ähm... Nein? Ja, das ist, was ich hören will. So. Explorer auf. Ähm... Intenso. Version Oh, ne Notlösung gibt es. Version 5. Okay. Pass auf, das Programm heißt Faden der Vernunft.exe. Schon da fängt's ja an, dass ich ein bisschen... Huch! Alter, Makalovs Krona, Dankeschön. Wie kommt es, dass du heute schon so zeitig mit dem Stream angefangen hast? Ähm, ähm, einfach weil ich, ich wollte, ja, ich wollte ja nach, also letzten Freitag, war ja nicht so lang und dann wollte ich zwischendurch streamen, das hat auch nicht so ganz geklappt und... Was ist denn das? Steeriderbs? Oh, guck mal hier, ein Kugelschreiber von... Steeriderbs. Ähm, ähm, weil ich ja zwischendurch nicht gestreamt habe und aus einem... Ich hab das Stream ja doch vermisst und ich hab die ganze Woche nichts gemacht. So, Faden der Vernunft, er ist sehr dünn. Ähm, jetzt ist die Frage, ich guck, ich starte es mal ganz kurz an vorher. Es ist mit Unity programmiert, das heißt, es wird wahrscheinlich grafisch sein. Wie krieg ich das hin? Ich muss wahrscheinlich zwischendurch immer die Szenen wechseln, ne? Ich schalte erst mal kurz hier hin, aber jetzt sieht man den Chat leider nicht mehr. Die... Aber ich kann die Cam ein bisschen größer machen. Vielleicht. Ich weiß nämlich nicht genau. Man muss es ja mit der Grafikkarte des, äh, der Fantasie spielen, der Fantasie. So. Okay. Na, ran am Bildschirm, trotz Brille und die Art des Vorlesens hier. Das liegt aber daran, dass ich gerade das Preview-Fenster winzig auf dem rechten Bildschirm habe. Ähm, im Talk-Bildschirm sehe ich das wenigstens, aber jetzt hier im Game-Bildschirm keine Chance. Okay. Ich mach mal kurz den Ton aus, weil ich weiß nämlich nicht, ob das mit Musik unterlegt ist. Wir werden es gleich alles feststellen. Faden der Vernunft. Und draußen Gewitter. Es passt einfach alles. So, warte. Warte, ich hab Black Screen. Grau-Screen und ein Maus-Pfeil. Aha. Optionen. Lautstärke, Originalstimme, Vollbild. Okay. Ich lass erstmal alles so, wie es ist. Ich weiß, es kann sein, dass es vielleicht laut wird. So. Ähm, es kann sein, dass es laut wird. Ich kann noch nichts garantieren. Aber jetzt schon allein dieser Aufwand. Allein dieser Aufwand. Okay, Start. Kinder, ab ins Bett. Es ist schon spät. Na, seid ihr schon müde? Nein, erzähl uns eine Geschichte. Oh ja, eine Geschichte. Hier, Papa, nimm das Buch. Okay, meine Kleinen. Oh, das gute Dattelik-Buch. Welche Geschichte wollt ihr denn? Die Long Journey Home? A New Beginning? Deponia? Das wohl lieber nicht. Sonst nutzt ihr das nur wieder als Ausrede, dass euer Zimmer eine Woche lang wie Rufus Müllplanet aussehen darf. Ich möchte bitte Ätna. Ja, Ätna und Harvey, das wär toll. Na gut, aber zuerst ins Bett und die Lichter aus. Wisst ihr denn noch, was zuvor passiert ist? Ätna entkam der Klinik von Dr. Marcel, wo dieser sie aufzog und versuchte, ihr Verhalten zu korrigieren. Nur durch ihren treuen, leicht verrückten Partner Harvey, den Plüschhasen, gelang es ihr, sich immer wieder an ihr wahres Ich zu erinnern und schlussendlich die Wahrheit über sich und ihren Jugendfreund Alfred herauszufinden. Kurz danach hatte ich euch die Geschichte von Lilly erzählt, bei welcher Ätna mit dem Kloster lebte und wo Harvey als fieser Gedankenmanipulator wieder auftauchte. Voll gut. Schuld daran war natürlich Dr. Marcel. Zum Glück wurde Harvey am Ende aber wieder normal und so gelang Ätna und Lilly erneut der Sieg über den fiesen Doktor. Doch jetzt zum neuen Teil. Unsere Geschichte beginnt an einem sonnigen Herbsttag auf einer Wiese am Stadtrand. Ach, hör doch auf! Willst du mich verarschen? Wie cool ist das hast du bitte gemacht? Wollt ihr mich verarschen? Dr. Marcel? Der Faden der Vernunft und eine Prise Chaos. Oh, wie schön ist das denn gemacht? Oh Mann, immer wenn es gerade spannend wird. Unsere Heldin erwacht vom Knurren ihres eigenen Magens. Seit sie auf der Flucht war, hatte sie nicht viel mehr zu sich genommen als ein paar Nacktschnecken, glitschig, etwas Rosenkohl und ein wenig abgestandener Milch. Hui, klumpig. So machte sie sich mit ihrem Freund Harvey auf Nahrungssuche. Was gibt es heute zu futtern, Ätna? Ich hätte richtig Lust auf ein T-Rex-Steak. Du meinst wohl T-Bone-Steak? Nein, T-Rex. Die sind leichter zu fangen mit ihren kurzen Ärmchen. Ach, Harvey. Nach kurzer Zeit erspäten sie beim örtlichen Bäcker ein Brot auf dem Fensterbrett und schlichen sich an. Oh, Junge. Und während sie es genüsslich verdrückte, fiel ihr in der Nähe ein bestimmtes Fahrzeug auf, weswegen sie mit Harvey hinter einen Busch hechtete. Das ist doch Dr. Marcells Limousine. Harvey, er hört uns noch. Aber warum besucht Dr. Marcel einen Spielzeugladen? Kurz darauf kam er heraus und hielt etwas in seiner Hand. Ist das ein pinker Hase? Hamina, Hamina, Ätna, los! Wir müssen etwas tun. Hamina, Hamina. Währenddessen unterhielt sich Dr. Marcel mit seinem muskulösen Angestellten Hulgur. Nun komm schon, Hulgur. Bring diesen Burschen zurück in die Klinik. Ich hab alles, was ich brauche. Entschuldigung, Boss, aber warum machen wir das hier nochmal? Mein lieber Hulgur, wie oft denn noch? Wir mussten den Jungen mit hernehmen, weil er sich ein Spielzeug aussuchen musste. Nur so können wir gewährleisten, dass eine Bindung zwischen ihm und dem Gegenstand besteht. Aber Boss, warum gerade dieser Junge? Weil er ihr ähnlich ist. Ich musste Dutzende Anstalten für einen ähnlich verwirrten Verstand durchsuchen, aber es hat sich gelohnt. Sieh nur, es ist wieder ein Hase geworden. Mit einem überlegenen Grinsen hielt er diesen empor. Und nun, lass uns aufbrechen. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Das ist einfach. Bring diesen Jungen zurück in sein Zimmer. Ja, Boss. Wir müssen sie retten. Er kann nichts Gutes mit ihr vorhaben. Wer ist wohl dieser Junge? Na gut, Harvey, aber wenn Dr. Marcel uns kriegt, musst du mir helfen, wieder zu entkommen. So machte sich Edna auf den Weg zur Anstalt. Hallo, ich werde dir an dieser Stelle erstmal eine Einführung geben. Ein klassisches Tutorial. Hier oben links siehst du einen klassischen Pausenknopf. Mit ihm kommst du zurück in das Hauptmenü. Rechts neben dem Menü findest du den Ort, bei dem du die Kartennummern eintippen kannst. In der oberen rechten Ecke siehst du einen Kopf. Der ist von Stereo und wenn du dort drauf klickst erzählt er dir etwas über die Entwicklung des Spiels. Dabei wird das Spiel aber nicht spoilern. Das große Bild was du in der Mitte siehst ist eine Ebene in dem Fall der Außenbereich einer Psychiatrie. Der Kasten links mit dem Fragezeichen ist eine Person mit der du interagieren kannst. Diese wirst du wiedererkennen wenn du sie anklickst um mit ihr Suche ruhig ein wenig herum. Manche Geschenke sind fies versteckt und können direkt nebeneinander liegen. Andere dagegen können sehr weit auseinander liegen. Oh warte mal ich mache Bereiche sind noch nicht verfügbar. Entweder benötigst du einen Schlüssel oder du musst etwas anderes tun um diese Stelle freizuschalten. Ansonsten ist es eigentlich selbsterklärend. Tauchen allerdings neue Spielmechaniken auf, so werden diese erklärt. Agiere einfach mit den Spielelementen. Du kannst jetzt endlich anfangen zu spielen. Was? Was? Agiere mit den Spielen ernsthaft? Okay, warte. Pass auf, die Cam ist vor dem Kopf, ich muss ganz kurz rausschalten, es könnte ganz kurz ein bisschen ruckeln, weil, warte, warte, das Ganze ist nämlich im Vollbild und jetzt geht das im Vollbild kurz raus. Ähm, was war das denn? Das war jetzt aber nicht gewollt. Okay, pass auf. Okay, warte, warte, warte. Ich glaube, der lässt mich nicht aus dem Vollbild raus, ne? Hallo? Ich will nur kurz die Cam korrigieren. Nein, ich lande immer wieder im Vollbild. Ich kann die Cam nicht verschieben. Ich lande im Vollbild. Eine Sekunde, es geht sofort weiter. Ich mache wieder Licht an. Boah, Alter. Gut, das Licht ist ein bisschen hell vielleicht. Ich würde es ja auch dunkler machen. Warte, warte, warte. Ich probiere nochmal ganz kurz. So, warte. Ich komme immer wieder raus. Der geht automatisch wieder ins Spiel rein, raus, also, weißt du schon? Oh Mann, warte. Oh, hä, was ist mit der Kamera? Wie, hä? Wieso, bitte? Ah, jetzt kann ich sie schieben, okay. Aus Versehen wahrscheinlich. Ich mache mich mal hier unten rechts, oder? Hier störe ich hoffentlich niemanden. So, Hauptmenü, das Vollbild raus. So, warte, 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 wir kriegen das schon hin. Jetzt bin ich wieder im Spiel und hier oben ist der Stereo. Den klicken wir jetzt mal an. Oh Gott, jetzt hat er mich wirklich angeklickt. Sie haben Leute heutzutage auch überall draufklicken müssen. Hallo, ich bin der Stereo und ich begleite euch hier durch den Abend, durch das Paket und wollte euch einfach mal ein paar Hintergrundinfos dazu geben, so ein bisschen Tratsch, ein bisschen was von allem. An dieser Stelle möchte ich mich aber erstmal bei Dedalic bedanken, dafür, dass sie mir das Projekt erlaubt haben und auch Geschenke beigesteuert haben und dass sie auch auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich sowas machen wollen würde. Und ich hatte natürlich Interesse daran. Hätten wir heute aus, tolles Projekt und es war für mich nicht selbstverständlich, was ist ja eigentlich Pokis Baby. Wir sehen uns gleich auf der nächsten Ebene wieder. Im Übrigen noch ein kleiner Hinweis, ich versuche in meinen Kommentaren, so gut es geht, die Story auszuklammern, sodass ich die nicht spoilere. Von daher kannst du mich gerne anklicken. Ich werde dich so hart durchklicken, das glaub mal. Eine Sache, ich muss das leider hart kritisieren, ich muss das hart kritisieren, aber hier fehlt einfach dieser lange Zeigefinger. Aber das war der Tutorial-Polizist, das war der Tutorial- Okay, pass auf. Gut, dann würde ich ganz kurz gucken, ich klicke mal hier auf, weil alles noch dunkel ist, klicke ich mal hier auf das Fragezeichen. Hey, was willst du denn hier? Hier kommt keiner ohne Dr. Marcel's Erlaubnis rein. Aber wir waren doch schon einmal da drin. Da war's bestimmt erlaubt, oder tag der offenen Tür. Aber ohne Besucherpass kein Einlass. Was? Ich war kein Besucher, ich war pa- Edna, nicht! Praktikant? Dann hast du doch einen Schlüssel. Hey, Moment mal, dich kenn ich doch. Du bist doch weggelaufen. Pass auf, Edna, dem zeigen wir's. Du hast dich früher oft geprügelt. Ich muss dir nur wieder beibringen, wie es geht. Edna, gegen die Wache am Tor! Was? Ziehe Umschlag 1? Was? Was? Okay, ziehe Umschlag 1. Edna gegen die Wache am Tor. Okay, jetzt ziehe ich Umschlag 1. Alter, ist das cool. Ich liebe diesen interaktiven Scheiß. Oh Mann, das ist so gut. Okay, Umschlag 1. So, das ist Umschlag 1. Ich müsste jetzt eigentlich, pass auf, ich müsste jetzt ganz kurz wieder, ich geh mal kurz wieder auf den Talk. Oh nee, warte, kann ich nicht Preview machen? Ähm, Ach, Preview hab ich jetzt woanders. Pass auf, wenn ich jetzt Preview mache, müsste eigentlich, aber bin ich trotzdem zu klein, ne? Ich geh schnell auf den Talk, pass auf. Ähm, das ist der Umschlag Nummer 1. Das steckt drin, ähm, Erklärung der Karten und Beispielkampf. Du stellst dich also deinem ersten Kampf. Sei unbesorgt, ich helfe dir. Zusammen kriegen wir das schon hin. Als erstes schauen wir uns mal deine Karte und die des Gegners an. Deine Karte ist lila, wie alle Karten von unseren Mitkämpfern. Der Gegner dagegen ist immer, warte mal, wie viel Text kommt denn dann noch? Vergiss es, such dir jemand anders. So, warte mal. Hier ist noch ein Umstand, hier ist noch ein Brief drin. Hier ist noch ein Brief. Ähm, das kann ich vorlesen lassen. Das kann ich vorlesen. Ne. Mach schon Platz, ich bin der Landfuhr. Okay, Crumboy, vielen Dank, lieber Crumboy. Die Idee war gut, aber Lelise Arme waren zu kurz. So, warte, warte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen sexy Unhold hier kennt. Ich frage, ihr liest ja dann die Sachen vor? Es ist gerade sehr dunkel, aber das sieht, das sieht aus wie, doch, man sieht den Bart nicht, weil er ein schwarzes T-Shirt trägt, aber das ist natürlich, das ist natürlich, okay, pass auf, ziehe Umschlag 1, wir haben Umschlag 1 gezogen. Du stellst dich also deinem ersten Kampf. Sei unbesorgt, ich helfe dir. Zusammen kriegen wir das schon hin. Als erstes schauen wir uns mal deine Karte und die des Gegners an. Also, deine Karte ist lila, wie alle Karten von unseren Mitkämpfern. Der Gegner dagegen ist immer, warte mal, wie viel Text kommt denn da noch? Was soll denn das hier? Ich, ich, vergiss es, komm, such dich wen anders. Oh, okay, dann übernehme ich wohl jetzt. Also, deine Karte ist lila, wie alle Karten von deinen Mitkämpfern. Der Gegner dagegen ist immer in Rot gehalten. Wie kommt denn der Jo da rein? Ganz oben im Kreis kannst du die Geschwindigkeit erkennen, mit der du unterwegs bist. Wie du siehst, ist es eine 4. Der Gegner dagegen hat dort eine 5. Er beginnt also den Kampf. Wie schade, hättest du auch eine 5 oder sogar mehr gehabt, hättest du den Kampf beginnen können. Danke Jo, vielen Dank. Mitstreiter würden sich hier mit ihrer eigenen Geschwindigkeit natürlich je nach Wert einreihen. Zu den Werten. Ganz oben kannst du neben deinem Namen auch deine Lebenspunkte sehen. 20, du bist halt ziemlich zäh, Edna. Ach, Edna. Die Kraft zeigt an, wie viel Schaden die Figur durch einen physischen Angriff verursacht. Intelligenz hingegen steht für kluge Manöver. Kenn ich nicht. Edna ist zwar ein vor Kraft strotzender Wirbelwind, wodurch sie schwache Charaktere locker umhauen kann, jedoch der Intelligenz mancher Figuren unterlegen. Was? Die Konzentration lassen wir erst mal außen vor, auf die gehe ich später näher ein. Die was? Bei einem Feind siehst du jeweils Zahlen vor den Werten. Dies hat seine Gründe. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, liegen dem Spiel Würfel bei. Du ahnst es sicher schon, mit diesen werden die gegnerischen Manöver ausgewürfelt. Der Würfel hierfür hat folgende Augen. Zwei, drei, drei, vier, vier, fünf. Mit der Zwei verfehlt der Gegner, mit der Drei nutzt er einen Kraftangriff, mit der Vier einen Intelligenzangriff und mit der Fünf einen Spezialangriff. Oh. Du dagegen kannst nicht verfehlen und immer frei entscheiden, ob du mit Kraft oder Intelligenz angreifst. Da du, wie wir festgestellt haben, viel stärker als klug bist, wirst du zumeist mit Kraft angreifen. Es gibt aber auch Techniken von Gegnern, die diesen Wert schwächen können. Von daher ist es immer gut zur Not, auf das andere zurückgreifen zu können. Äh, ja, Bei Edna gibt es drei Felder unter den Werten mit lustigen Symbolen. Dies hat seine Gründe. Öffne nun bitte Geschenk Null. Warte, warte, erstmal kurz die Karte zeigen. Öffne Geschenk Null, bevor du weitermachst. Hier, das ist die Edna-Karte. So, so sieht die Edna-Karte aus. Die hat eine Vier oben links und Edna hat 20 LP, sieben Kraft, Intelligenz hat sie drei und zehn Konzentrationen. Das bin ich, skrupellose Rächerin und Retterin mit Herz und Havi. So, und sie hat ein Schwert, ein Schild und einen Ring und ich glaube da, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man noch Waffen, äh, ein Schild und ein Special-Item anlegen kann und hier haben wir den, ähm, die Wache, die am Turm am Eingang der Anstalt sitzt. Das ist eine rote Karte, hier. Er hat fünf, das heißt, der fängt an. Er hat den ersten Schlag, warum auch immer, der ist niemals schneller als wir, aber hey. So, Torwache hat 22 LP, zwei mehr als Edna, ähm, W drei bis fünf Damage, also Würfel drei bis fünf Damage und Würfel, äh, vier bis zwei Damage, W fünf, Klammergriff, vier Damage, plus zwei Runden, keine Kraftangriffe. Okay, Edna's Kommentar dazu, der Typ kann nicht mal den Postboten aufhalten, das macht mir Mut. So, ich werde hier, ich werde wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich, äh, gleich, äh, verkacken. So, okay, warte, 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 äh, ich versuche die Würfel aus der Packung zu kriegen, das ist mein umfangreiches Rätsel. So, okay, warte, 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 äh, das Mikro knackt, warum knackt das Mikro, sitze ich auf dem Kabel. So, okay, gut, äh, normaler Würfel, hier ist der zwei, drei, vier, vier, fünf, vier, drei, okay, gut, den haben wir, ähm, du dagegen kannst immer mit der zwei verfehlter Gegner, äh, mit der drei nutzt er einen Kraftangriff, das ist der rote, das ist Intelligenz, und dann ist Spezialangriff mit der fünf, okay, das verstehe ich soweit. Also, wir haben, äh, wir haben hier auf der Karte, ne, das W3 bis 5, ich zeig euch mal ganz kurz, das W3 bis 5, Würfel 3 bis 5, hallo, Kamera, Würfel 3 bis 5 ist der Kraftangriff, Würfel 4 bis 2 ist der Intelligenzangriff, und unten W5 ist der Klammergriff. So, W3 heißt nicht W3 bis 5, sondern ich glaube, W3 ist einfach, wenn ich eine 3 würfle, gibt's 5 Damage, wenn ich eine 4 würfle, gibt's 2 Damage, wenn ich das richtig sehe. So, oder? Aber was ist denn mit der 2? Was ist denn 2? Ja, ja, das müssen wir mal kurz, so, öffne Geschenk 0, bevor du weitermachst. Ich öffne Geschenk 0, ich kann gleich wieder umschalten, ne? Umschlag 2, Umschlag 3, jetzt muss ich Geschenk 0 suchen, ist das, ist das die 0? Ich glaube, das ist die 0, da ist ein 0 drauf, warte, warte, ich mach mal wieder hier zurück, so, da ist ein 0 drauf, ich hoffe, das ist richtig, los, schalt scharf, Kamera, los, und wir haben schon die bessere Kamera, vielleicht muss ich das Licht heller drehen, ach, 2 ist verfehlen, das war's, genau, 2 verfehlt der Gegner, ja, hast recht, 2 verfehlt der Gegner, 2 ist nix, okay, wir haben Geschenk Nummer 0, da ist aber noch ein Umschlag drauf, das ist unglaublich einfach, was ist dieses Leben, was ist einfach dieses Leben, so, so, Stereo sagt es richtig, und wenn ich jemandem hier glauben kann, das Geschenk sind 5 Meter Tesafilm, so, gut, das kann ich später noch als Krawatte tragen, ähm, das, hat, ich mach das mal ganz kurz auf, so, äh, okay, jetzt hier, also kurz zur Beruhigung, wir haben, warte mal, hier ist noch was drin, oh, hier sind Karten drin, warte, warte, ich guck gleich, nur, dass ich nix vergessen habe, gut, dieser Umschlag ist jetzt obsolet, ich kenne diese Wörter, so, hier ist noch ein ganz, hier ist noch ein kleinerer Umschlag drin, was ist denn da los, okay, wir haben eine Harvey Karte, Harvey ist eine Waffe, Harvey mit seinen alten Augen, verrückt, aber liebevoll erhöht er den Schaden um eins, das ist Harvey, weiß man doch, so, da ist Harvey, ich muss glaube ich wirklich mal, ich muss ja wirklich das Licht mal nach oben ziehen, weil momentan bin ich angeleuchtet, aber alles, was ich hier vorne halte, ist nicht mehr angeleuchtet, deswegen müsste ich eventuell mal, ähm, wie mache ich das denn jetzt mal ganz kurz, warte mal, oh, Mist, ich hänge hier mit dem Kabel wieder fest, das mit den Kabeln ist noch suboptimal, da muss ich mir noch was überlegen, so, und das Kabel hängt unter dem Stuhl fest, das ist ja toll, jetzt geht es, warte mal, ähm, so, ich hoffe, das geht jetzt, so, ich habe ein bisschen heller gedreht, die Hintergrundbeleuchtung, und jetzt hoffe ich das, kann ich das jetzt zeigen, ja, naja gut, jetzt kann man zumindest deutlicher sehen, aber mit dem Fokus, das klappt noch nicht so gut, ne, also der Autofokus ist echt nicht gut, Momo, Dankeschön, und dieser Nachname, so, Harvey, Waffe, Harvey mit seinen alten, da sieht man es jetzt mal ein bisschen besser, so, die Harvey-Karte, okay, benutze doch deinen tollen Zoom, das probiere ich mal aus, geht das, warte mal, hey, du, okay, warte, okay, ja, geht auch gar nicht mal, geht gar nicht mal so schlecht, ne, okay, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube eher nicht, so, ähm, nicht ganz so nah in die Cam halten, dann passt auch der Fokus, ja, brauche ich vielleicht Makro, ne, okay, ich öffne das Geschenk, den kleinen Umschlag mache ich auch gleich weiter, so, ich habe ein Axelhaar gesehen, das ist völlig unmöglich, so, ach ja, das Leben ist schön, das Leben ist gut, warte, 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 lalalalalala, 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 eine Plastiktüte, die habe ich mir immer gewünscht, ha, schön, endlich eine eigene Plastiktüte, ha, so, warte, 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 in dieser Tüte aber enthalten, Edna, wir müssen den Mond anzünden, ein, und da zoomt er, da zoomt er aber sehr gut, ne, jetzt zoomt er auf einmal sehr gut, ein kleiner Havi-Hase, oh, ist das cool, ein kleiner Havi, oh Mann, oh, das Paket, ey, ich werde das die ganze Nacht machen, ist mir egal, so, okay, nicht, was, aber nicht über den Kopf ziehen, ach so, die Tüte, ähm, wo kann ich den Havi mal hinsetzen, kann ich den hier vielleicht irgendwo, ne, kann ich den irgendwo hin drapieren, wo man den immer sieht, ja gut, da hinten auf die, auf den Friedhof der Kuscheltiere, aber ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht genau, ähm, kann ich den vielleicht noch irgendwo, wenn ich den vielleicht, ich will nicht, dass der hier umfällt, äh, äh, hier ist noch ein Wasser übrigens, na los, ah, bitte halt, ah, der kippt nach vorne über, weil der einen fetten Bauch hat, so, jetzt geht's, jetzt sieht man, und ich roll schon wieder über die Kabel, das mit den Kabel muss ich mir noch, so, cool, so, dann, ist hier noch ein kleiner Umschlag drin, was ist das denn, ach, das ist die Waffe, die ich dann wahrscheinlich auf die Karte legen kann, oh Gott, das wird doch friemelig, uh, und ich hier mit meinen, ich hier mit meinen alten Ogerhänden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, der Umschlag ist leer, ähm, und wir haben hier, ganz kleine, ganz kleine Harvey-Köpfe, die sind winzig, das sind ganz kleine Harvey-Köpfe, und zwar, eins, zwei, drei, vier, fünf Stück, das heißt, ich kann ihn vielleicht fünfmal als Waffe einsetzen, ich versuche das jetzt hier auf dem Tisch ein bisschen zu sortieren, oh Gott, ich, meine Finger sind wirklich nicht so feingliedrig, wie man sich das wünschen würde, ähm, so, ganz kleine Harvey-Köpfe, die tue ich mir jetzt hier hin, so, und den Umschlag dahin, so, wie es läuft keine Musik, weil, hier läuft gerade die Musik vom Spiel, so, da machen wir jetzt weiter, öffne Geschenk Null, bevor du weitermachst, wir haben alles geöffnet, alles zur Zufriedenheit, hoffe ich, hat funktioniert. Oh, endlich bin ich da raus, wie du siehst, hast du mich nun an deiner Seite, natürlich stehe ich dir bei, Edna, das versteht sich ja von selbst, das ist so cool gemacht, einfach, meine Karte ist grün, was bedeutet, dass du mich ausrüsten kannst, und wie du sicher schon im Umschlag bemerkt hast, gibt es dafür Sticker, Sticker, Junge, mein Sticker kannst du also direkt auf das Waffenfeld auf deiner Karte kleben, Edna, so rüstest du mich aus, und machst mit allen Angriffen einen Punkt, extra Schaden, falls du mich einmal deinen Verbündeten leihen möchtest, kannst du ihnen meinen Aufkleber geben, darum gibt es so viele davon, damit du jederzeit wechseln kannst, in dem Feld unter dem Gegner steht nur eine Info, und ganz unten auf der Karte stehen immer Ednas Gedanken zu ihr, du kannst diese abspielen, indem du die Nummern auf der Kartenrückseite im Spiel eintippst, es gibt auch noch andere Karten mit anderen Farben, am häufigsten wirst du wohl auf blaue Karten treffen, das sind ganz normale Leute, die weder kämpfen noch dir schaden wollen, Alle anderen Farben erkläre ich dir, wenn es soweit ist, okay? Danke dir, Jo. Nun zurück zum Kampf. Die Geschwindigkeit der Torwache ist leider schneller als deine. Hab ich gesehen. Wir stellen uns einmal vor, er würfelt direkt eine 3, was heißt, dass er dich mit seiner Kraft erwischt. Von deinen 20 LP, hast du nur noch 15 Punkte übrig. Jetzt bist du dran, verpasse meine! Nach einem Kraftangriff hat er noch 14 von seinen 22 LP übrig. Er würfelt eine 5 und greift mit seiner Spezialtechnik an. Du verlierst 4 TP und kannst 2 Runden nicht mehr Kraft angreifen. Dir bleiben 11 Punkte. Das könnte knapp werden. Mit Intelligenz und HW ziehst du ihm 4 Punkte ab, 10 bleiben. In dieser Runde hast du Glück. Er hat nur eine 2, somit verfehlt er, während du wieder mit 4 Punkten draufhauen kannst. Oh, eine 4. Er greift dich also mit Intelligenz an. Zum Glück ist er nicht der Hellste. Dir bleiben 9 Punkte und du kannst endlich wieder mit Kraft angreifen. Los, gib's ihm! Fertig! Siehst du, das war's auch schon. Dankeschön. Er hat besiegt und du bekommst einen Erfahrungspunkt. Toll, hab ich verdient. Hast du 3, kannst du einen Wert, Geschwindigkeit, Kraft oder Intelligenz von dir oder deinen Mitstreitern um einen Punkt erhöhen. Die Mitstreiter sammeln allerdings keine Erfahrungspunkte. Das tust nur du als Chefin. Von daher solltest du dir genau überlegen, ob du damit dich oder andere stärken willst. Bei mehreren Leuten wären die Kämpfe etwas komplizierter. Da müsstest du zusätzlich entscheiden, wen der Gegner angreift. Aber das kriegst du schon hin. Die Grundlagen hast du nun wieder drauf. Sicher. Den Rest schaffst du sicher erstmal alleine. Ja klar, sicher. Ich ruhe mich ein wenig aus. Kein Problem. Dann in Hieden muss ich erstmal mein Frottier neu sortieren. Apropos ausruhen. Nach jedem Kampf ruhst du natürlich aus und bist wieder voll geheilt, wenn es in die nächste Prügelei geht. Oh, das ist gut. Kampf gewonnen? Ja, wir haben den Kampf gewonnen. Also ich sehe das so, dass wir den Kampf gewonnen haben in diesem Hörspiel. Also jetzt, ähm, also ich hab's schon verstanden, wie's funktioniert. Ne, also wir machen das gleich im richtigen Kampf, werden wir das gleich sehen. Das war jetzt gerade eben noch, ähm, das war gerade eben noch theoretisch. Aber wir haben auch in der Theorie den Kampf gewonnen, weil die Wache mit Intelligenz angegriffen hat. Und da natürlich nicht viel übrig war. Ähm, so. Du musst würfeln. Ich muss doch nicht würfeln. Hier steht, ich hab gewonnen. So, hier steht nämlich, siehst du, das passt auch schon. Er ist besiegt und du bekommst einen Erfahrungspunkt. Wir haben bereits ein XP bekommen. Und, ähm, nein, du musst selber spielen. Aber hier steht auch, ich hab gewonnen. Ja, den Rest schaffst du auch sicher erstmal alleine. Wir haben den Kampf gewonnen. Bei mehreren Leuten wären die Kämpfe etwas komplizierter. Da müsstest du zusätzlich entscheiden, wen der Gegner angreift. Beispielsweise durch Auswürfeln oder Alexa eine Zahl von 1 bis X wählen lassen. Bei mir hat der Figur 1 beispielsweise beim Würfeln die Zahlen 1 bis 3. Figur 2, 4 bis 6. Darum liegt der zweite Würfel bei. Nein, das kriegst du schon hin. Okay. Gut, ähm, so. Aber hier steht doch, du hast gewonnen. Das war's auch schon. Er ist besiegt und du bekommst einen Erfahrungspunkt. Hier steht nicht, das ist hypothetisch. Hier steht jetzt, der, der Harvey legt sich hin. So. Wenn ich das richtig sehe. Stereo, wie sieht denn das aus? Wir haben doch den ersten Kampf jetzt gewonnen, oder? Stereo sagt, ja. Na siehste, wir haben den ersten Kampf gewonnen. Sag ich doch. Ich werde hier nicht mit dem Macher des Spiels diskutieren. Stereo sagt, wir haben gewonnen. Im nächsten Kampf müssen wir es anwenden. Also. Ein XP. Jetzt muss ich mir aber ein XP aufschreiben, glaube ich, irgendwo. Mit der Macht des Stereosischen Stiftes, schreibe ich mir jetzt XP, mache ich hier eine Leiste. Und dann mache ich mir jetzt einen Strich da rein. So. Okay. Und dann. Dann müssen wir weitermachen. Okay, wir haben die Wache. Wir können nochmal gegen die Wache kämpfen. Ich muss mal auf den Igel klicken. Der Igel. Oh, was haben wir denn da? Du hast Mod-Glas 1 gefunden. Mod-Glas 1. Das ist so ein Panzerglas vor dem Mod-Raum quasi. Damit die Leute, die gebannt werden, da nicht durchbrechen. Das ist ein bisschen wie bei World War Z immer. Mod-Glas 1. Mod-Glas. Muss ich das jetzt hier? Gibt es hier ein Mod-Glas? Hier sind Gläser. Okay, hier sind Gläser, aber da steht nichts dran. Die Mod-Gläser sind die grauen Dinger im Paket. Okay, das sind die hier, ne? Also wenn ich jetzt, da steht keine Nummer dran. Also kann ich das einfach öffnen? Ist das richtig? Ich guck mal ganz kurz. Ich öffne es einfach mal. Es wird zum Sauf-Spiel. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Es ist... Aha. Ach, hör doch auf. Achso, man sieht es. Warte, ich muss jetzt immer zwischen den Perspektiven umherschalten. Das ist jetzt anders als beim letzten Mal. Da habe ich ja nur im Talk die ganze Zeit gesessen. Guck mal. Kann man das sehen? Gut, er moderiert nicht so direkt aktiv mit, ja. Aber ich glaube, man kennt ihn aus Film und Fernsehen. Es ist der Herr Kapuzenwurm. Und er ist da. Und er sagt, ha ha ha. Ha ha ha. Auf seine österreichische Art und Weise. Ha ha ha. So, es ist ein Kapuzenwurm-Glas. So, aber wo stelle ich die Gläser für die Mods mal hin? Ich stelle sie mal hier vor den ausgeschalteten Monitor. Da steht Kapuzenwurm drauf. Schön. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das Glas da hin? Ähm, wir schaffen das schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Kapuze. Schön. Hallo übrigens. Pass auf, ich schalte wieder zurück. So. Äh, hier. Nochmal aufs Spiel. Gut. Ich kann da nichts entdecken. Ah, da ist nichts drin. Okay, pass auf. Und hier haben wir noch die... Gib eine Kartenzahl ein. Edna, Harvey. Edna. Das bin ich. Skrupellose Rächerin und Retterin. Mit Herz. Okay. Harvey. Das ist Harvey. Das weiß man doch. Ja, das stimmt. Sonst haben wir, glaube ich, noch keine, oder? Hat der Gegner... Doch, der Gegner hat die zwei... Warte mal. Ne, eins ist Harvey, zwei ist der Gegner. Und deswegen fängt nämlich dieses Paket hier erst mit der drei an. Hm, okay. Ja, 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 ja. Ich weiß, die Nummern auf den Karten rückseien. Ja, ja, ja. Torwache? Torwache. Der Typ kann nicht einmal den Postboten aufhalten. Das Coole ist, ich muss halt gar nichts vorlesen. Was ist denn hier in diesem Sennengarten? Oh, was haben wir denn da? Okay. Mod Glas 3. Aber haben die denn... Oh ja, das sind ja mehrere ineinander gesteckt. Du kannst doch einfach die Mods ineinander stecken. Wo kommt man denn da? Wo kommt man denn da hin? Ähm, aber haben die Nummern? Weil hier ist jetzt ein kleines Geschenk drin, glaube ich. Die haben aber selber keine Nummern, ne? Kann ich die jetzt nach gut dünken aufmachen? Ich muss kurz warten auf Stereo, weil die haben keine Nummern. Ich warte kurz auf Stereo, da weiß er aber Bescheid, ne? Das Paket ist von Stereo, für Leute, die jetzt noch dazugekommen sind. Deswegen halte ich mich natürlich an die Anleitung. Ich öffne es schon mal ein bisschen. Was? Doch, Julien steckt jetzt in Cassie. Was? Gronkh, du kannst random öffnen. Okay, das ist gut. Mod Glas 3. Ich öffne einfach random und da ist noch was drin. So. Das Papierchen kommt da hin. Hier ist noch ein Geschenk drin. Und wen haben wir denn hier? Ach, gucke mal. Ich muss dann wieder auf Talk schalten. Guck mal, wen wir hier haben. Kamera, 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 Kamera. Bei Kapuze, warum hat es noch? Ich muss es, glaube ich, tatsächlich so machen, irgendwie, ne? Aber es klappt hier irgendwie nie bei dieser Kamera. Ja, man kann es deutlich lesen. Steht Android drauf. Hier kann man es, glaube ich, gut lesen. Da, Anschuhen steht da drauf. Ja, jetzt kann man es gut lesen. Der Anschuhen. So, da steht er. Ich werde das Glas jetzt mal. Ich werde Anschuhen erstmal in Kapuzenwurm einführen. So. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es ist für beide akzeptabel. Jetzt ist hier noch vier von Stereo. Das gehört da, glaube ich, gar nicht rein, ne? Vier von Stereo. Was? Da kommt es mir, oh! Die sind selbstgravierte Gläser. Was hast du denn zu Hause für eine Werkstatt, sag mal? Alles klar, selbstgravierte Gläser. Klar, warum nicht? Dann auch in so einer professionellen Schreibschrift. Warum nicht? Das ist doch unfassbar. Okay, ähm, 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 dieses Ding hier ist die Frage. Ja, ich würde, ja, VIP geben ist eine gute Idee, aber dann müsst ihr das Spiel ausmachen. Ich komme gerade nicht aus dem Spiel, glaube ich. Also, ich habe es ja gerade probiert mit dem Kamera verschieben. Der, äh, fokussiert immer wieder. Die vier kommt erst noch. Okay, dann ist die vier da reingerutscht. Ich lege die vier hier mal rein. Ich lege die vier da mal rein. Okay, gut. Mod Class 3. Für meine Mods finde ich alles. Hey, was ist das denn? Alles klar, für meine Mods finde ich alles hier. Wir machen die ganzen... Ich wüsste gerne, ob du auch ohne Stereoist-Hilfe durchkommst. Du F***elust, ich muss aber bei ein paar Regeln muss ich nachfragen. Ich weiß nicht, ob ich einfach random irgendwelche Gläser öffnen kann. Ich muss doch nach ein paar... Ich muss doch nach Spielregeln nachfragen. Ich frage ja nicht nach der Lösung. Ich klicke gerade erst mal die Mod-Gläser durch. Mein Freund, ja? So, guck mal hier. Laborrats. Da ist Laborrats mit eigenem Trinkglas. Ich glaube, es riecht jetzt schon nach Alkohol. Ja? Der Laborrats, äh... Ist ja bekannt dafür, dass er vor jedem Stream erst mal zwei Flaschen Whisky trinkt. Damit er hier klarkommt überhaupt auf den Chat. So. Gut, das war Laborrats. Ähm... Dann hier. Ich klicke nochmal... Da ist nichts. Na gut, ich klicke trotzdem... Ich kann da nichts entdecken. Eine Kamera? Hunderte Generalschlüssel. Meiner war besser. Aber die tun's auch. Endlich konnte Edna die Anstalt betreten. Es war nur noch nicht klar, durch welchen Eingang. Spiele zu erdenken ist nicht halb so trivial. Wie man gemeinen annimmt, dazu braucht man unter anderem Gehirnwindung aus Couch. Oh, oh, gutes Aussehen. Ein Ideal. Halt, stopp! Letztes bitte streich dir. Hirn und gutes Aussehen reichen. Doch mit neun von zehn Fällen ist davon aus zu gehen. Der Gamedesigner hatte keine besseren Ideen. Wenn er seine auch Charakter in ne dunkle Gasse schickt und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt. Hump, hump, hump. Hump, hump, hump. Hump, 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 hump. Wie gut. Alter, ist das gut. Ist das gut. Das Lied ist aber auch geil. Aber es ist alles geil. Alter, was ist denn hier los? Alter. Alter, wie gut ist das denn bitte? Oh, ich will die Lieder mal abspielen. Ich muss das alles aus den Sourcen rausziehen. Ich will das Lieder. Boah, ist das gut. Generalschlüssel. Schmeißt denn sowas weg? Du hast Geschenk 16 gefunden. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Alter. Entschuldigung. Boah, das ist einfach ein Traum. Entschuldigung. Das ist wirklich, wirklich... Ja, wir machen ja schon weiter. Oh, warte mal. Hier ist noch ne Tasse. Die ist aber schon aufgegangen. Da kann ich nix für. Da seh ich schon, dass es ne Tasse ist. Ähm, Paket 16. Ich suche grad Paket 16. Wir haben 15. Da ist 16. Oh, ich weiß, was es ist. Oh, ich weiß, was es ist. Hier ist die 16. Und ich weiß genau, was es ist. Es ist ein Butterkamm. Nein, ähm... Es ist, äh... Eine gewisse kleine Schallplatte, glaube ich, ne? Ist das nicht eine gewisse kleine Schallplatte? Jetzt wieder umschalten. Mann! So. Immer umschalten. Umschalten. Hier. Es ist, glaube ich... Oh. Es ist 100 pro eine gewisse kleine Schallplatte. Ich bin fast sicher. In 9 von 10 Fällen ist davon auszugehen. Der Game Designer hat keine besseren Ideen. Ach, ein Traum. Ähm... Ich wusste es. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Poki und Band. Deponia Doomsday. So. Oh, nee. Ist das eine andere? Oh, die hab ich... Hab ich die? Ich weiß gar nicht, ob ich die hab. Guck mal hier. Und da natürlich Poki und Band. Happy Ends. Ich kann's leider nicht auflegen, weil ich keinen Schattenspieler hier angeschlossen habe. Best of Love. An die Baut of Love. Ich wollt schon sagen, Best of Love? Hä? Ich dachte grad so, Best of Love. Baby, don't hurt me. Don't hurt... Poki? Ich weiß, du guckst grad nicht zu, aber... Wollt ihr nicht mal irgendwann What is Love covern? Ich weiß nicht warum. Die Gitarrenversion stell ich mir da grad echt schmissig vor. Boah, das ist so gut einfach. Es ist einfach so gut. Es ist einfach so schön. Oh, wie cool. Das ist... Es ist wie Weihnachten gerade. Es ist wirklich wie Weihnachten. What if love? Baby, don't hurt me. Ach, schön. Ich muss mir bewusst werden, wo ich die Sachen hinstaple gleich. Ich tu das mal neben das Audio-Möbel jetzt. Die tue ich wieder zurück. Wir haben Geschenk 16 gefunden. So. Und ein tolles Lied. Boah, das Lied war so großartig. Ein Baum. Nichts. Noch ein Baum. Nichts. Dieser Igel. Dieser sehr auffällige Igel. Ich muss da immer draufklicken. Okay. Fenster. Ich klicke erstmal die kleinen Sachen ringsrum an. Ich kann da nichts entdecken. Okay, noch ein Busch. Da ist nichts. Na gut. Edna, ich wollte nochmal gucken. Und hier ist noch eine kleine Pfütze. Oh, was haben wir denn da? Oh. Oh, Geschenknummer. Och Mann. Ja. Das mit dem Umschalten. Entschuldigung. Das ist immer schwierig. So. Ich habe jetzt einfach Büsche angeklickt. Und ich habe jetzt hier in dieser kleinen Pfütze, habe ich Geschenk 1 gefunden. Entschuldigung. In dieser kleinen Pfütze. Ansonsten, ich habe nichts gefunden. So. Und ich will diesen Igel mal anklicken. Wir haben Geschenk 1 in dieser Pfütze gefunden. Ich muss halt immer, ich muss jedes Mal die Szene wechseln, weil immer wenn ich diese Szene drin habe, sagen Leute, wechseln. Wenn ich dann die andere Szene drin habe, sagen Leute, wechseln. Und wenn ich irgendeine Szene drin habe, wechseln. Und wenn ich dann oben vorm Schlüpperregal stehe, dann sagen Leute, wechseln. Immer das Gleiche. Immer muss ich wechseln. So. Geschenk 1. 1, nee, 8 und 4. Puh. 6, 15. Umschlag, Umschlag. Hier ist noch U2. Also U2, die Band. Die hat hier auch was beigelegt. Hier ist noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Ein riesiger Umschlag. 2 von Stereo. 22, 21. Dieser Stereo. Dieser Teufelstyp. 10, 18, 19. Hilfe, wo ist die Nummer 1? Ich bin gleich wieder im Bild, ja? Huch. Bei 3 steht drauf, von Stereo und das Gestrüpp. Aha. Das heißt, andere haben sich da auch noch beteiligt. Meine Fresse, das ist so übertrieben alles. Das ist einfach so völlig übertrieben. Hier ist 12, 18. Das ist echt wie ein Adventskalender. Ähm. 20. Was ist das hier? 7. Ich finde die 1 nicht. Was? Das ist Quatsch. Schlüpper kann man einmal umdrehen. Sage ich doch. Wechseln. 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 So, warte. Ich wechsel ja gleich wieder. Ähm. Wo ist denn die 1? Das ist die 2. Warte mal. Das ist die 13. Das ist die 12. Es geht gleich weiter. 21. 22. Äh. 15. 14. Das ist natürlich alles wieder ein heilloses Durcheinander. Die 5. Von Tagtraumelfe. Oha. Die mache ich jetzt auf. So, warte. 1 war der erste Umschlag. Nein, nein. Das war Umschlag 1. Es gibt Geschenk 1. Es gibt Umschlag 1. Und es gibt natürlich die Mod-Glaser. Die haben auch eigene Nummern. Also, Ades hat hier eigene Nummern. Der Styrio macht das sehr akribisch. Und das ist auch sehr gut so. So, warte, 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 warte. Ähm. Ich mache hier nochmal weiter. 6 von Styrio. Irgendwo wird die doch sein. Was ist das denn alles hier? Heilige Popeilige. Steht die Nummer drauf? 1 von Lolli HD. Hier ist die 1. Wechseln. Wechseln. Ich möchte wechseln. Können Sie wechseln? Mister, können Sie wechseln? Können Sie wechseln, Mister? Hier, die sind 5er. Können Sie mir in einer wechseln vielleicht? Bisschen wechseln? So. 1 von Lolli HD. Entschuldigung. Ähm. Ich muss das. Tue ich jetzt wieder weg. So. Übrigens, kennt jemand die Szene gerade mit wechseln? Kennt das jemand? Können Sie wechseln? Wechseln? Kennt das jemand? Ist aus dem Film. So. Diese Schneeke Rolex. Die Schneeke Rolex habe ich mir gekauft. So. Kennt das? Ja, UHF. Ja. Leute kennen UHF? Ja. Sehr gut. So, wir können, was ich mache, pass auf, das mache ich wirklich so. Ich mache das, das müsste eigentlich gehen. Der Preview-Bildschirm müsste groß genug sein. Und hier kann ich wechseln, 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 hi. So. So. Falls ich nämlich vergesse zu wechseln, ach, da ist die 1 von Lolli. So. Dann kann ich immer noch. So. Ähm. Machst du dich etwa über deine Community lustig? Hä? Als ob mir das gelingen würde. Das macht die doch schon selber. Okay, warte, warte, warte. Oh, eine Rolle Klopapier. Hm. Ah, Klopapier. Oh, Mikrofon habe ich vergessen. Ach, Lolli. Egal, was da drin ist, es kann das Klopapier nicht toppen. Es kann das Klopapier toppen. Was ist das denn? Brenne! Das ist das erste, was ich lese, brenne. So, warte, warte. Es ist benutzt. Benutztes Klopapier ist mir das Liebste, weil ich weiß, ich tue auch was für die Umwelt. So. Feuer und Flamme, wortwörtlich, brenne. Lass uns den Mond anzünden. Es ist ein Harvey Einmachglas. Guck mal. Kann man, ich hoffe man, jetzt zoom doch mal drauf. Diese Kamera, ne? Die ist eigentlich echt super, aber. Ja, jetzt aber, hier. Feuer. Lass uns den Mond anzünden. Und Feuer und Flamme, wortwörtlich. Von innen beschriftet. Ne, das ist von draußen. Ich glaube, drauf gebrannt, ne? Da gehört bestimmt ein Teelicht. Ich glaube, Teelicht? Oh, ein Kerzenglas. Gut, ich kenne mich da nicht so aus. Und da unten ist auch noch was drauf. Ah, das ist wahrscheinlich das Initial. Ja, für Teelichter wahrscheinlich. Okay, ein Windlicht. Dann ist das wahrscheinlich was von draußen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall anzünden, wenn der Poké mal wieder hier mit Band panned. Mit Band panned. Schön. Toll, wie mir diese tollen Textzeilen einfach so nebenbei einfallen. So. Wegen meinem Schnupfen. So. Wir wechseln, wechseln. Könntest du wechseln? So, Geschenkpapier kommt jetzt hier hin. Gut, wir haben das gefunden. Wechseln. Ja, warte, ich mach wieder hier auf Games. So. Dann, ähm. Ach da, Lolli HD. Wink mal schüchtern, das ist Farbe drauf gemalt. Spülmaschinenfest. Ach so. Sehr gut. Aber ich kann da eine Kerze reinstellen, ne? Also nicht, dass die Farbe dann abbrennt und dann, äh, steht hier alles in Flammen. Was eine heiße Party wäre. Und Harvey wäre wahrscheinlich begeistert. So ist UHF der vierte mit der Film mit Weird L. Das ist genau der Film. Liebe Geschossspitze. So, okay. Drück dann nochmal auf die Tonne, bitte. Okay, auf diese hier. Also, das, ich dachte, das wäre eine Kamera. Ich kann da nichts entdecken. Ne, da ist nichts mehr. Okay. Gut, wir haben jetzt erfolgreich auf die Bäume geklickt. Hier ist noch ein Auto. Hier ist noch ein Busch. Da ist nichts. Hm, schade. Ich klicke so gern die Büsche ab. Ähm, dann haben wir hier ein Wachhäuschen. Ähm. Worauf, äh. Du hast mir die Vorschläge auf. Daniel, gute, gute Filmwahl. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ich klicke mal drauf. I'm gonna swing from the chandelier here, from the chandelier here. I'm gonna leave. Like tomorrow, da sind Dixie's. What? Moment. War da was? Hallo? Ist da wer? Oh, Mist. Schnell weg hier. Hey. Komm sofort wieder her. Mir kommst du nicht. Aber wir können es versuchen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd. Oh, 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 hier, äh, hallo Gamer, hallo Gamer, wie geht's? Alles klar, Gamer, alles klar? Hey, Sony, Sony Claim, hallo Sony Claim. Oh, Mojo, dankeschön. Jetzt geht alles durcheinander. Jetzt fliegt hier alles durcheinander. So, stellte der Chauffeur unsere Helden. Oh, du bist doch Ätna. Der Doktor wird sich freuen, dass du wieder da bist. Jetzt komm schön brav mit in deine Zelle. Niemals. Ätna gegen den Chauffeur. Ziehe Karte 3. Der Chauffeur. Gut, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Karte 3 ist. Okay. Aber die Frage, müssen wir jetzt alle verprühen? Nein, wir verprühen ja nicht alle. Es gibt ja auch blaue Karten. Dann wollen wir mal, ähm, Das ist eine sehr, eine sehr enge Tüte. Da muss ich einzeln rausziehen. So, gut. Ich habe die Karten aus der Tüte befreit. So, Karte 3. Ich lege mir den Kartenstapel hier hin. Karte 3. Der Chauffeur. Wechseln, wechseln. Kannst du wechseln? Wechseln. Hier ist der Chauffeur. Der hat 17 LP. Nach jedem Kampf sind wir wieder ausgeruht. Das ist gut. Das heißt, jetzt muss ich natürlich gucken. Hier ist Edna. Und Edna hat den Harvey. Ich habe leider keinen Kleber dabei. Sind das Aufkleber? Ne, ne? Das sind einfach Papierschnipsel, oder? Wenn das Aufkleber sind, dann... Das sind keine Aufkleber, oder? Beim Stereo ist halt alles möglich. Deswegen frage ich mich, ob das kleine Aufkleberchen sind, die ich jetzt da auf die Karte klebe. Mist, da können Sie wechseln? So, warte, warte. Da stand ja Sticker. Doch, sind da Aufkleber. Natürlich sind das Aufkleber. Aber ganz ehrlich, mit meinen Hulk-Fingern, diese feingliedrigen Sticker hier zu entdingenzen, ich kann hier nicht... Ich bin einfach zu... Ich bin echt grobmotorisch, was sowas angeht. Das ist ganz klein. Meine Finger sind halt sehr groß. Deswegen... Jetzt habe ich es. Jetzt... Oh nein, jetzt wieder dran. Jetzt habe ich es wieder. Okay, gut. Es sind Aufkleber. Eine Pinzette. Hey, wir haben es ja jetzt. Okay. Okay, ich klebe Harvey. Ich will ehrlich gesagt die Karten hier gar nicht kaputt machen. Und ich würde alles am liebsten im Originalzustand behalten. Aber jetzt mache ich es mal nicht. So. Nach dem Durchspielen kann man die Umschläge ja auch nicht mehr öffnen. Also man kann es nur einmal durchspielen. So. Gut. Wir haben Harvey aufgeklebt. Wir haben 20 LP. Ähm. Zielkarte 3. Gut. Ich drücke mal auf OK. Kampf gewonnen. Okay, wir müssen den Kampf... Wir müssen den Kampf selber. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das ging. Ich habe ja noch das Buch hier. Wir haben ein XP bereits durch unseren ersten Kampf, den wir heldenhaft bestritten haben. Niemand kann was anderes sagen. Ähm. Wir haben zwei Karten. Nach einem Karten... Ja, nach einem Kraftangriff. Jetzt muss ich selber nochmal ganz kurz gucken. Achso, der Chauffeur fängt an. Er hat, äh... Sechser Speed. Er hat Sechser Speed. Der hat bestimmt... Der hat bestimmt in der Lamousine... Hat da noch schnell was reingeschnupft. Deswegen... Ne, ich wechsle jetzt nicht. Wir bleiben jetzt hier. Ich wechsle nicht. Nein, wir bleiben jetzt hier. So. Ganz oben die Geschwindigkeit zu den Werten. Lalalala. Und jetzt würfeln wir erstmal seinen Angriff. Ne? Sehe ich doch richtig. Oder? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Eben ganz kurz eben. Endlich bin ich da raus. Ne, warte mal. Mitstreiter würden sich an der Geschwindigkeit natürlich den Wert anreihen. Edna ist voller Kraft. Strotzender. So. Ähm. Jetzt bei einem Feind siehst du jeweils die Zahlen von den Werten. Du anstest schon, mit diesen werden die Gegner schon. So. Mit der 2. Aha. Das wissen wir schon. Du dagegen kannst nicht verfehlen. Bei Edna gibt es drei Felder unter den Werten mit lustigen Symbolen. Da wir HW haben, haben wir aber plus 1. Beim Kraftangriff, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. HW erhöht den Schaden generell um 1. Nicht nur bei Kraftangriffen. HW erhöht den Schaden generell um 1. Ich leg mir den mal hier hinter die Edna. Oder unter die Edna. So. Okay. Ähm. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich... Mama, der Allgemein will nicht wechseln. Ähm. Ich würfel jetzt erstmal mit diesem Kollegen hier. Und dann müsste ich dadurch quasi... Tischcam hab ich leider nicht. Ich hab... Hatte ich letztes Mal eigentlich eine Tischcam? Nee, ne? Nee, hatte ich nicht, glaube ich. So, warte. Ich würfel jetzt mal... Ich brauch einen Platz... Ich brauch... Ich hab keinen Platz zum Würfeln. Ich würfel hier auf der Tischkante. Äh. Kippe. Es ist eine 2. Die 2 heißt... Es passiert nichts. Wir weichen aus. Ist das richtig? Ja, ne? Mit der 2 verfehlt der Gegner. Ja, mit der 2 verfehlt der Gegner. Sehr gut. Wir könnten... Ich könnte auch Alexa würfeln lassen, aber die ist nicht angeschlossen leider gerade. Die ist weder hier an das Audiosystem angeschlossen, noch ist überhaupt der Stecker drin gerade. Also, es geht schon... Hier. Also, es... Ja gut. Ich... Ich bescheiß ja nicht. Warum soll ich ja bescheißen? Ich spiele alleine. Ich spiele nicht gegen irgendwen. Ich würde mich nur selbst bescheißen. So. Edna würde wechseln. Geschossspitzen. Bin ich ausgewichen erfolgreich? Er denkt, die zahlen bestimmt aus. Achso, was steht auf der Karte des Chauffeurs? Das ist eine gute Frage. Karte 3. Achso. Kann ich erst hinterher machen. Äh, da steht... Der Typ hat mehr Punkte als ich treue Punkte. Aber Edna, du hast doch gar keine. Niemand sammelt die. Das stimmt. Ich sammle keine Treuepunkte. So, wieso ist Alexa ausgeschaltet? Weil ich hier alles umgeknipst habe und ich brauch den Stecker. Die Steckdose. Aber morgen kommt neuer an und dann hab ich hier wieder Platz und dann kann ich hier auch wieder einstecken. Du hattest letztes Mal ein Textdokument, wo du alle Werte eingetragen hast. Das kann ich diesmal leider nicht machen, weil wir haben ja diesmal ein Spiel dabei. Letztes Mal hatten wir nur den Talk-Bildschirm. Da musst du ja auch nicht wechseln. Wir hatten nur den Talk-Bildschirm. Talk. Und jetzt haben wir das Spiel dabei. Ich müsste halt immer wechseln. Es wäre ein heilloses Durcheinander. So. Gut. Jetzt machen wir weiter. Wir haben gewürfelt. Wir würfeln nochmal. Die Torwache ist ja eh schon down. Eine 4. Ach, warte mal. Wir greifen jetzt an, ne? Eine 4. Das muss ich mir vielleicht... Ich hätte mir das... Mit dem Textdokument würde ich mir das aufschreiben irgendwo. Eine 4 ist ein Intelligenzangriff. Edna ist aber nicht unbedingt intelligent. Sie macht einen Schaden von 3 plus HW 4. Das heißt, der Chauffeur hat jetzt nur noch 13 HP. So. Der HP. Ähm... Mh, 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 mh. Ne, 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 ne. Habe ich richtig gemacht, ne? Du musst nicht würfeln. Aber ich muss doch würfeln, wie Edna angreift. Ach, du kannst dir aussuchen, wie du angreifst. Ah, stimmt. Edna kann ihren Angriff frei wählen. Du würfelst nur Feinde aus. Okay. Ja, aber dann nehme ich natürlich den Kraftangriff. Dann nehme ich den Kraftangriff. Das sind dann 7 plus 1 von HW sind 8. Das heißt, der Chauffeur hat nur noch 9 HP. Ähm, warte. Chauffeur. Ich mach mal. Ich schreib nicht auf die Karten. Chauffeur. Außerdem kann ich ja die HP nicht wegstreichen. Könnte ich, glaube ich, schon. Edna ist frei. So, Chauffeur. Hat 17. Ich streich das durch. Jetzt hat er 9. So, hier ist mein... Äh, hier ist mein... Ich wechsle mal nicht, weil das lohnt sich nicht. Das ist mein Notizblock. Ist das nicht toll? So. Randale. Schön. Okay. Dann wollen wir mal... Ja, okay. Du kannst frei entscheiden. Erinnerst frei. La, 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 la. Okay, okay. Dann wollen wir mal. Der Chauffeur ist natürlich jetzt sehr erbost. Oh, stimmt. Er versucht es bei DSDS. Kam jedoch nicht in den Recall. Nun arbeitet er als Fahrer. Stimmt. Das steht da auch noch auf der Karte. Das kriegen wir vielleicht... Kriegen wir das vorgelesen? Das ist unten. Guck mal hier. Steht da noch. Ich wechsle mal nicht. Ihr könnt das alle lesen. Vor allem Leute, die auf dem Handy zugucken. Bitte lest das. Äh, lest das. So. Okay, gut. Ich würfle nochmal. Ominöserweise. Ich versuch's mal hier. Ich leg mal das Gamepad weg. Ich leg mal das Xbox Gamepad auf die Playstation. Irgendwo stirbt grad jemand. So. Es ist wieder eine 4. Der Chauffeur. Das ist Intelligenzangriff. Die 4 ist Intelligenzangriff, ne? Ja. Ähm. 4 hat 4 Damage. Er greift für 4 Damage an. Ist Intelligenzangriff. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 16. 16. So. Ähm. Edna. Das kann ich auch nicht da eintragen, weil sonst hätten wir immer. 20. 16. So. Okay. Du hast gerade was getan. So. Also. Edna hat 16 HP. Wir greifen zurück an. Natürlich wieder mit Kraft. Das sind dann 7 plus 1. Das sind wieder 8. Der Chauffeur hat nur noch einen einzigen Hitpoint. Aber er greift natürlich wieder an. Mit einer 2. Ich schwöre, es ist eine 2. Also es lohnt sich auch gar nicht mehr. Es lohnt sich auch gar nicht. Also. Äh. Ich schumse nicht. Hier ist wirklich eine 2. Ich brauche eine Kamera für hier. So. Wo ist das Spielfeld? Hier bei mir auf dem Schreibtisch. Hier. Guck mal. Ich halte die 2 in die Kamera. So. Die lag aber wirklich gerade hier oben. So. Okay. Das heißt. Wir können jetzt eigentlich wieder. Ist egal was wir machen. Der Fahrer ist tot. Wir haben den Kampf gewonnen. So. Haben wir gemacht. Und jetzt? Wir haben ein XP. Ein XP haben wir. So. Okay. Wenn ich ihn nochmal anklicke. Was passiert dann? I'm gonna swing from the chandelier here. From the chandelier here. I'm gonna leave. Like tomorrow, dass du nix siehst. Moment. War das? Hallo? Ist da wer? Oh Mist. Schnell weg hier. Hey. Komm sofort wieder her. Miren kommst du nicht. Aber wir können es versuchen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd. Stellte der Chauffeur unserer Helden. Oh. Du bist doch Edna. Der Doktor wird sich freuen, dass du wieder da bist. Jetzt komm schön brav mit in deine Zelle. Niemals! Edna gegen den Chauffeur! Haben wir schon gemacht, haben wir schon gemacht. Zielkarte 3, Kampf gewonnen, haben wir schon gemacht. Ich schreibe mir kein XP auf. Aber ich klicke mal ganz kurz auf Stereo. Der hat wieder was zu sagen. Oh Gott, jetzt hat er mich wirklich angeklickt. Das können Leute heutzutage auch überall draufklicken müssen. Hallo, ich bin der Stereo. Ach so, ja. Ich begleite euch hier durch den Abend. Wir haben den Stereo. Und ich wollte euch einfach mal ein paar Hintergrundinfos dazu geben. So ein bisschen Tratsch, ein bisschen was von allem. An dieser Stelle möchte ich mich aber erstmal bei Dedalick bedanken. Dafür, dass sie mir das Projekt erlaubt haben. Und auch Geschenke beigesteuert haben. Und dass sie auch auf mich zugekommen sind. Und mich gefragt haben, ob ich sowas machen wollen würde. Und ich hatte natürlich Interesse daran. Er bricht aus. Tolles Projekt. Und es war für mich nicht selbstverständlich. Es ist ja eigentlich Pokisbe. Stereo, Entschuldigung. Ich dachte, hier wäre das Neues. Klicken wir auf das P-Schild. Ich klicke mal auf das P-Schild. Oder hier? Nein, da ist nichts. Okay. Hier ist noch ein Baum. Da ist auch nichts. Ja, dann klicke ich doch mal. Die Fenster habe ich schon. Eingangsbereich. Hier ist noch hinten was. Was? Okay, ganz kurz. Die Karte. Vom Fahrer war die 3. Die 3. Ich mache nochmal schnell. Hier, Fahrer. Dr. Marcel's Fahrer. Der hat mehr Punkte, als ich treue Punkte. Aber Edna, du hast doch gar keine. Niemand sammelt die. Ich konnte Stefan den Igeljungen sehen. So, okay. Den haben wir. Hier sind Bilder. Da ist nichts. Ich kriege jedes Bild durch. Da ist nichts. Ich war verklagt wegen des hohen Gerichts. Der Anwalt schaute mir in die Hose und sagte. Da ist nichts. Na gut. Ich wusste gerade nicht, was ich auf nichts reimte. Es ist nicht nur Gerichts. Mir fiel gerade sonst nichts ein. So. Wegen der Pflicht. Schwierig. Hier ist ein Handtuch. Ich kann da nichts entdecken. Okay. Ich kann da nichts entdecken. Okay, gut. Und was ist das da? Das ist doch irgendwas. Hier ist doch was. Ich dachte, die Dinger wäre ich endlich los. Lass uns eine Ritterrüstung daraus schmieden. Aus Stoff kann man nicht schmieden, HW. Dann lass uns eine daraus nähen, ja? Alter, das ist so aufwendig. Mit den ganzen Texten eingesprochen und so weiter. Das ist einfach so unglaublich aufwendig. So, 8, 9. Was ist denn das? Hier ist ein Umschlag. Geschenk 2. Hier sind kleine Umschläge noch. Karte 11, 10. 11. Kittelrüstung. Ein Kittel der Anstalt lässt sich nur hinten schließen. Erhöht die Verteidigung um 1. Okay, aber die Frage ist, hier sind kleine Umschläge dabei. Ah, das müsste der Kittel sein. Hier sind kleine Kittel. Ich wechsle mal ganz kurz eben. So, hier. Kittelrüstung. Aus der Anstalt. Ich dachte, ich wäre dem Mist los. So. Und hier haben wir noch einen Umschlag. Und in diesem Umschlag sind natürlich wieder Sticker drin. Die kann ich mir jetzt gleich auf eine Spielcharakterkarte kleben. Wir haben vier von den Stickern. Das heißt, jeder Charakter, den wir finden. Wir werden noch ein paar Freunde finden. Vielleicht ja auch den Bienenmann. Oder zumindest auch Lilly. Wäre natürlich schön. Wenn wir Lilly finden würden, würde ich mich freuen. Und jetzt muss ich natürlich erstmal ganz kurz eben. Warte. Ja, ich mache hier nochmal schnell. Ich muss ganz kurz eben. Dieses kleine. Hier. Den kleinen Kittel muss ich eben gerade wieder. Ja, Droggelbecher kann man natürlich auch. Ich weiß nicht, ob der. Der wird 100 Pro vorkommen. Der wird sowas von. Diese kleinen Aufkleber. Das ist natürlich. Also da. Das ist natürlich. So kann man den Stream auch in die Länge ziehen. So. Äh. Äh. So entstehen Gewaltverbrecher übrigens. So, warte. Oh. Ja, ja, ja. Ich kriege das Ding nicht. Ich. So, warte, 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 warte. So. Dafür gibt es Kinderarbeit. Ja. Möchtest du Infos, ob du alles auf der Ebene hast? Kommen wir dann wieder zurück? Also, also, das würde mich interessieren. Kommen wir dann wieder, wenn ich jetzt hier reingegangen bin, komme ich dann wieder raus? Da links ist ja die Treppe. Oh, ich habe es. Ich habe den Aufkleber zufällig durch Geistesabwesenes abknibbeln. Habe ich den professionell. Ich klebe den mal hier auf die Rüstung. So, wir haben jetzt, äh, Verteidigung plus 1. Als ob das Hemd irgendwas verteidigen würde. Aber es ist vielleicht schon sehr alt. Und wir haben noch Geschenk 2. Das heißt, ich tue das hier nochmal dahin. Wir haben noch Geschenk 2. Ähm, warte. Das zieht natürlich den Stream auch noch erfolgreich in die Länge, wenn ich Geschenk 2 nicht sofort finde. Hier, das ist 9, das ist 22, um Gottes Willen, ähm, da, oh, die 2 ist von Stereo und die ist sehr groß. Das ist Geschenk 2. Es ist sehr klein. Ah, man kann wieder rausgehen. Oh, sehr gut. Man kann wieder raus. Was ist da? Nein. Natürlich, es war... Nein, nein, bitte nicht. Oh, Stereo, sag mir nicht, dass du das getan hast. Lieber Stereo, bitte sag mir, dass du nicht das getan hast, was ich denke, was du getan hast. Nee, 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 nee. Okay, also, pass auf. Das ist Nummer 1, ja? Ihr wisst genau. Natürlich, natürlich war mir klar, dass das jetzt kommt. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Was soll das denn heißen? Also, also, so weit ist aber noch nicht. Es sei, dass es China-Größe, dann ist okay. Aber alter, ernsthaft? So. Gib dem fetten Mann mal ein Zelt. So, schön, schön. Aber gut, es ist ja ein Anstaltskittel. So, schön. Das ist ein Fehler, noch fehlt ein 3x. So, schön, toll. Erstmal wieder unter Freunden. So, Skyman, danke schön bei Skyman. Droggelbecher. Oh Gott, 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 oh Gott. Ähm. Alter. Was zum Teufel ist denn... Hä, das ist ja wirklich so ein bekloppten Kittel, oder? Ach, du Heilige. Okay. Die fallen klein aus. Warte, warte, ich muss gerade ganz kurz aufmachen. Boah, alter, die Knöpfe. Damit auch... Also, ganz ehrlich, das fühlt sich schon so bequem an. Das ist... So. XXL. Kokott. Ah, waschbar bei 95 Grad, okay. Ähm, das Problem ist... Ich muss ganz kurz gucken wegen der Kabel. Ah. So, jetzt... Oh Gott. Ja gut, die Kabel... Oh, hallo, hört man mich noch? So, warte. Ich bin sofort wieder... Outfit, wechseln, wechseln, wechseln. Wo sind die Knöpfe? Ach, die haben nur oben Knöpfe. Hä, die haben... Warum hat das Ding nur oben Knöpfe? Was ist das denn für ein... Oh, der wird hinten geschlossen. Ähm. Ne, falschrum ist der nicht. Der ist nicht falschrum, oder? Oh, der ist doch falschrum. Äh, wie soll ich denn den... Oh Gott, wie soll ich denn den jetzt anziehen? Ich brauche doch Hilfe. Äh. So, warte. Andersrum. Äh, das ist einfach... Das mit den Kabeln ist sehr bequem. Wechseln, wechseln. Aber ist... Aber der Kragen, das ist doch ein Hemdkragen. Ne, warte, geht schon, geht schon. Aber hier ist ein Hemdkragen, oder? Okay, die Taschen sind vorne. Warte mal. Äh. Äh. Zwangsjacken zieht man nicht alleine an. Ich hab hier mal... So. Ich bin sofort wieder da. Oder warte mal, ich geh mal ganz kurz aus... Ich mach mal ganz kurz die Cam aus. Dann kann die Paaren mich mal ganz kurz ein... Oder warte, ich kann ja hier vorne. Guck mal. Das ist keine so gute Idee. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich mach... Ich bin sofort wieder da. Ich wechsel mal ganz kurz. So. Warte, warte, warte. Äh. So. So, Sekunde. So, jetzt... Jetzt kannst du. Warte, warte. Jetzt werd ich... Jetzt werd ich eingeknebelt. Ja, hättest du mal gewartet bis... Bis 5 Uhr morgens, hätt ich die gemacht. Die Paaren ist übrigens krank. Wollte ich nur sagen, ne? Nee. Soll ich das hier auflassen? Ja, lass mal auf, sonst krieg ich keine Luft. So, aber hier vielleicht nochmal zumachen? Ja, das wär gut. Boah, das Schöne ist, es wird richtig kühl werden gleich mit diesem... Hast du mir grad auf den Arsch gehauen? Ja. Gut, das ist erfreulich. Das ist, glaub ich, ne gute Sache. Huch. Hi. So, gute Besserung wünschen grad alle. Wird auch mal Zeit, dass ihr das wünscht, wollte ich sie damit sagen. Oh, okay, die... Oh Gott, das ist so unbequem, das Ding. Das ist mega unbequem. So. Bonjour, bonjour. Heute kochen wir wieder tolle, tolle Sachen. Heute wieder tolles Kochen. Okay, aber... Das hab ich euch noch gar nicht gesagt. Das war noch nicht alles, was dabei lag. Hier ist noch was aus China. Das Shirt war cool. Wer was anderes sagt, riecht streng. Das war noch nicht alles, was dabei war. Stereo, ich hasse dich ein bisschen. Und das Problem ist aber, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Oh Gott. Ernsthaft. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz die Kopfhörer absetzen. Ja, warte kurz. Warte, die Kopfhörer sind jetzt im Anzug. Die sind im Anzug, die Kopfhörer, das ist gut. Äh, 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 äh. Der Kopfhörer ist runtergefallen. Und womit verdienst du dein Geld so? Was macht ihr Sohn beruflich? Hä, ich setz die richtig rum auf. Die ist aber viel zu klein. Der Hund, das ist ein XXL-Ding und dann ist die Perücke aber... Könnt ihr mal aufhören mit dem HH? Ich seh nichts. Ich muss doch gucken. Die ist nicht richtig rum, ne, oder? Alter, ist die eng. Oh. Warte. Oh Gott. Ah. So. Das ist ja das Tollste, was ich in meinem Leben jemals... Hi. Ich bin sehr schön. Ich möchte mich von vorhin noch mal zitieren. Was ist dieses Leben? Was ist das für ein Leben? Also ich würde dann Badewasser kaufen. Toll. Warte, warte, warte. Warte. Ich schreibe mir alle Subs auf meinen Po. So. Gut. Das ist ja schön. Das ist ja... Ja, erfreulich, wie sich der Abend entwickelt. Sehr erfreulich. Ist ja genug Platz. Was soll das denn heißen? Schön. Boah, das ist warm. Alter. So. Ähm. Gut. Gronkh ist eins mit dem Spiel. Ich freue mich, dass ich diese Karte gefunden habe. Stereo, auch dir nochmal. Vielen, vielen Dank. Ach nee. Ach, ich kann die Szenen nicht wechseln dahin. Ich... Ja, jetzt noch den Bart färben. So. Hi. Jetzt kann ich ja doch wieder dieses komische Spiel auf dem iPad weiterspielen, ne? So, gut. Dann habe ich das, äh... Übrigens, hallo alle, die neu in den Stream kommen. Es gibt hier nichts Besonderes zu sehen. Ja, das, äh... Man kann wieder rausgehen. Ich möchte nicht in den Keller. Oh, na gut. Und hier? Ah, da sind wir wieder draußen. Okay, okay, okay. Gut. Wir können also wieder raus. Also, wenn wir was übersehen haben, muss ich die Kopfhörer mal ein bisschen größer machen. So, ähm... Oh, warte mal. Hier sind noch die ganzen Hemden. Die muss ich noch hier rüberziehen, glaube ich. So. Auf den Umschlag. So. Wechseln, wechseln. Wir wechseln. Können Sie wechseln? So, ich habe doch nochmal versucht, hier rauszukommen. Gut. Da sind wir wieder drin. Okay. Ähm. Ich glaube, ich freue mich. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist so ein Teller. Da ist nichts. Oh. Okay, da ist nichts. Da ist nichts. Aber hier. Aber hier. Aber hier, 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 hier. Ich kann da nichts entdecken. Hier, 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 hier. Ich kann da nichts entdecken. Hier, hier. Hier, hier, hier. Okay. Ich klicke mal auf den Rollstuhl. Ich habe Angst, was passiert, aber ich klicke mal auf den Rollstuhl. Das kann ich gut gebrauchen. Ich hoffe, ich muss jetzt keinen Rollstuhlfahrer vermöbeln. So, Karte, du hast Karte, ach Karte 10. So. Alter. 10. Oh, das ist schon 12. Ach, das ist 10. Ah, 11 haben wir ja schon. Karte 10 habe ich gefunden gerade. Rollstuhlzusatz. Das Spiel wird ja immer schlimmer. Okay, warte. Ah, das ist die Karte. Ich hoffe, ihr seht sie. Man kann es nicht lesen. Kann man jetzt hier. So. Er hatte die Karte zum Mantel nicht gezogen oder gezeigt. Äh, doch. Natürlich haben wir die gezogen. Das war Karte 10. Die haben wir kurz vorher gezogen. Okay, man sieht es gerade nicht, aber da steht drauf. Rollstuhlzusatz. Der Name Mike steht darauf. Oh. Ja, wie nun witzig. Dankeschön. Bei der Erden. Vielen, vielen Dank. Ähm. Ausgerüstet erhöht er die Geschwindigkeit um 5. Für Leute, die es nicht wissen. Mike ist der Künstlername von Rollergirl. So. Und Edna sagt, damit bin ich schneller als alle anderen. So, okay. Gut. Timmy wäre auch gut gewesen. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 5, ne? Eine Geschwindigkeit von 5. Damit haben wir eine Geschwindigkeit von 9. Ich will nicht auf die Karte schreiben. Ähm. 9. So, hab ich mir mal umrandet. Wahrscheinlich, ich weiß, ob da noch viele Gegenstände kommen. Die Karte können wir auch vorlesen. Das geht natürlich klar. 10. Äh. Die 10. Stand ja da auch gerade noch. 10. Rollstuhl. Damit bin ich schneller als alle anderen. Ja, das ist, äh, ja. Da, äh, so. Gut. Der Mike braucht ihn ja nicht mehr. Diese. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er sich jetzt fortbewegt. Vielleicht hat er auch einen neuen. Wechseln, wechseln. Ich hab doch nur die Karte vorlesen. Ich hab noch nicht gespielt. Wechseln. So, okay. Den Rollstuhl haben wir. Ähm. Haben wir erfolgreich eingesackt. Ist da zufällig noch ein Ring drin? Im Waschbecken? Eintopf. Oh, was haben wir denn da? Modglas für... Warte mal. Okay, warte. Ja. So. Ich hoffe, das geht. Modglas 5. Ich nehme einfach ein Glas heraus. So. So geht es mir immer mit langen Haaren. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Wann kommt das neue Album? So, alles klar. Das haben wir. Aha. Oh, jetzt hab ich aber Finger mit Finger ab... Das ist immer nicht alles meine Finger abdrücke. Guck mal hier. Achso. Ja, wechseln, wechseln. Ja, hier. Äh, achso. Ja. Guck mal. Kann man es lesen? Casey. Es ist Casey. Mit dieser sehr hässlichen Frau im Hintergrund. Ein Casey-Glas mit sehr hässlicher Frau im Hintergrund. Hi. So, Casey. So, okay. Das Casey-Glas riecht auch schon wieder streng nach Alkohol. Ich wechsel direkt wieder. Gut. Herdplatten. Da ist nichts. Okay. Ein Teller. Da ist nichts. Sehr viele Stühle hier. Da im Schrank. Oh, was haben wir denn da? Geschenk Nummer 19. Okay. Okay, das ist schwierig mit den Kabeln gerade. Ich versuche mein Bestes, aber die Kabel hängen hier wirklich im Nacken. So. Geschenk Nummer. Oh Gott, das Ding rutscht hier auf einer Perücke. Geschenk Nummer 19. Wir kriegen da schon alles hin. Wäre doch gelacht. Wir haben schon ganz andere Peinlichkeiten hier durchstanden. Was ist das denn alles? Und das wird auch irgendwie nicht weniger, ne? 18 von Stereo. Ich habe das Gefühl, wir werden hier noch ein bisschen Zeit verbringen. 5, 3, äh, 13, 15, 11, 4. Wo ist denn hier 19? Warum kommt immer das Geschenk, das ich nicht finde? Hi. Ähm. Wo ist denn hier die 19? Äh. Das ist ein Trick. Es gibt gar keine 19. Warte mal, da unten liegt noch eins. Ist das die 19? Das muss doch die 19. Es ist die 17. Das gibt es doch nicht. Ich muss mal wieder ein paar rauspacken. Warte. Okay. Die Kopfhörer. Muss ich die enger machen? Was ist denn mit dir passiert? Bitte, für Leute, die neu hier sind, frag bitte einfach nicht. Ja? Bitte einfach nicht fragen. Bitte akzeptiert es einfach so. Ich weiß selber nicht, was hier passiert ist. So, oben rechts können wir gleich machen. Wir müssen erstmal Geschenk 19 finden. Wir müssen erstmal Geschenk 19 finden. So, warte. Ähm. Äh. Ist aber hier. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe eine Perücke auf. Wenn ich jetzt Stöhngeräusche mache, dann fragen mich Leute nach meinen Füßen. Da unten. Es ist 19 von Dedalick. Hier, da ist. Wechseln, wechseln. Hier. Da ist. Hier. Es ist. Die unscharfe 19. Warte, warte, warte. Okay. Ähm. Ich guck mich, da wollte ich noch Loretta genannt werden. Das kommt mir bekannt vor. So, warte, 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 warte. Ähm. Das ist eine unglaubliche Menge an Tesafilm. So. Ich jetzt hier. So. Aha. Ja, die kenne ich. Boah, von denen habe ich mal schon ein paar geklau... Von denen habe ich schon ein paar gesammelt. Die habe ich, was unscharf ist, da käme so einiges. Das sind Bierdeckel von Dedalick. Ja, Bierdeckel. Haben wir gerade aus dem Schrank gezogen in der Küche. So. Ein paar schwarze Auge. Ist doch schwarze Auge, ne? Bierdeckel. Genau. Von denen habe ich mir schon heimlich, äh, mal welche, äh... Darf man mal deine Füße sehen? Weil das, äh... Ach, das war Sati... 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 Sati Nafs Ketten. Genau. Aber das war das schwarze Auge. Ich erinnere mich dran. Ja, ich erinnere mich dran. Das erste Game davon. So. Die Bierdeckel. Ähm. Ich tue die mal hier hinten zu der Platte. Und dann lege ich Geschenk 17 weg, weil das darf ich noch nicht. Und hier war noch der Rollstuhl drin. Glaube ich, hier waren Rollstuhlkarten drin. So. Äh. So, warte. Hier waren Roll... Äh, äh, ja, Rollstuhlkarten. So. Wann haben wir den 2013er-Gronk? Hä? So, warte. Hier sind ganz viele Rollstühle drin. Ich hab einfach mal fünf Rollstühle. Weißt du? Andere, andere Leute kaufen sich Lamborghinis. Oder fahren goldene BMWs. Und was machen wir? Wir haben fünf Rollstühle zur freien Verfügung. So. So, einen Rollstuhl muss ich mir auch aufkleben, glaube ich. Das mach ich auch mal gerade. Der Vollständigkeit halber. So. Was? Gronk hat eine Geschlechtsumwandlung hinter sich und definiert sich jetzt als Tesafilm. Was? Was? Äh. Warte, warte, warte. Oh ja, das ging diesmal einfach. So. Und falls ihr wollt, ja, nach dem Stream lese ich auch noch aus kleinen Räucherstäbchen die Zukunft vor, wenn ihr mich anruft. Das ist gar kein Problem. Ich habe direkten Kontakt zu den Sternen. Ja? Und zu den Abergonen, äh, die jenseits der Sterne auf die Menschheit schauen und unsere Geschicke lenken. Da habe ich direkten Kontakt. Ich habe den direkten Draht in den Himmel rein. Und da kann ich, wenn hier jemand anruft, da kann ich gegen einen geringen Aufpreis, gegen einen geringen Obolus, kann ich dann gerne mit den Abergonen, werde ich Kontakt halten und werde dann natürlich jedem seine Zukunft verraten, ja? Wir nehmen Kontakt auf über Räucherstäbchen. Das ist der übliche Weg. Das ist ähnlich wie bei den Indianern. Die waren ja auch ein sehr naturbezogenes Volk. Die haben damals Rauchsignale gemacht und ähnlich funktioniert es dort. Das heißt, jenseits der Sterne wird man diese Signale empfangen und ich kann ihnen dann quasi die positive Lebensenergie aussaugen, indem ich mit ihnen telefoniere. Toll. So, das haben wir. Ähm. Geschenk 19 haben wir gefunden. Okay, hier noch. Das kann ich gut gebrauchen. Und noch ein Modglas. So. Dann schaue ich mal. Äh. Das sind aber zwei, huch, das sind aber zwei Gläser. Hä? Das sind zwei Gläser in einer Packung. Ich packe aber nur eins aus, ne? Weil sonst ist es ja irgendwie illegal. Was? 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 Ah, nee, die gehören zusammen. Die gehören zusammen. Glaube ich. Die gehören. Nee, noch nicht wechseln. Ich hab einfach mal auf den Schrank geklickt. Ich kann noch nicht dauernd hin und her wechseln. Leute haben Epilepsie. Das denkt doch mal an die armen Leute. So. Die beiden Gläser hab ich doch gedacht, dass die zusammengehören. Guck mal. Caligo und Lumen. So. Auch bekannt als die Lumen Group. Caligo und Lumen. Mach schon Platz. Ich bin der Landfurt. Nee, Bob, nee. Bob, versuch dich bitte nicht hier rein zu drängen. Lieber Bob, viel, viel Dank. Aber jetzt aber raus mit dir. Schnell. Hier sind Gläser. Gut. Das sind die beiden Gläser. In das hier kommen rohe Eier rein, wegen der Polizeiausbildung. Und hier ein kräftiger Schnaps. So. Um manchmal hier. So. Da braucht man ja auch ein dickes Fell. So. Gut. Ich stell das mal alles hier hin. Hier sieht's langsam aus wie in der Großküche. So. Eieieiei. So. Ich schalte wieder rum. So. Da sind wir wieder. Das haben wir geschafft. Mordglas Nummer 6. Hier sind noch Fenster. Da können wir nix machen. Okay. Ich glaube, es wird wieder Zeit zum Möbeln, oder? Boah. Diese ganzen Bekloppen machen mich noch wein. Nein, Schnauzescheibenwitscher. Entschuldigung. Dankeschön. Wenn dieses blöde Kloster nicht geschlossen hätte, müsste ich mich jetzt nicht mit dir in Rump lagen. Hey du. Gänsehals. Dich kenn ich doch. Oh, schreck nicht die. Die was? Ähm. Gute Seele? Sei bloß froh, dass ich nicht gegen meine Bewährungsstrafe verstoßen. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, verschreiben die mir noch diese blöden Pellen. Zur Beruhigung. Als wenn ich sowas nötig hätte. Ich bin die Ruhe selbst. Außerdem Konzentrationspillen. Dann noch welche gegen die zittrigen Finger. Ich fühle mich wie ein Versuchskaninchen. Oh, das tut mir leid. Leid tun? Dir wird es bald leid tun, wenn du mich weiter störst. Franz ruhig, Doris. Beruhige dich. Denk einfach an was Schönes. Blutige Messer. Umgedrehte Hälse. Zorte Kätzchen. Kindersarge. Die Geißel der Galaxis. Puh. Ja. Jetzt geht's mir besser. Die Geißel der Galaxis. Siehst du? Tobi. Ich brauche keine Pillen mehr. Ich bin total entspannt. Hey Göre. Hier. Wirf das in die Tonne für mich. Und geh mir aus dem Weg. Ich hab zu tun. Okay. Schnell weg hier. Oh, Doris. Scheibenwitscher, es tut mir leid. Ich wollte natürlich nicht, aber ich war grad, grad weil es Doris. Ich war so, ich war so aufgefühlt. Ich war so emotional. Ich bin's immer noch. Hört sich wirklich an wie Coldmirror, ne? So, oh, Doris. Oh, Mann. Oh. Ach ja, die gute alte Küchenhilfe. Ich erinnere mich, ich musste ja, ich hab ja für Edna, ähm, nee, für, für, nee, Harvey war das. Für Harvey hatte ich das ja eingesprochen. Da durfte ich ja Boris einsprechen, äh, in dieser, in dieser Special Edition von, von Harvey bricht, äh, Harvys neue Augen. Ähm, und da konnte man umstellen im Hauptmenü, kann man immer noch. Und ich hab bei dieser Aufnahme, hab ich so dermaßen in aggressiv ins Mikro geschrien, dass mir wirklich, mir sind da wirklich so ein paar Aden im Kopf geplatzt und ich musste zwischendurch einfach nochmal ganz kurz an die frische Luft, weil mir einfach schon schummrig vor Augen wurde. Also richtig, ich hab richtig gemerkt, puf. Ich hab's ein bisschen übertrieben bei der Aufnahme und danach war ich auch, äh, komplett, das ist Sinika, die echte Stimme von Doris. Hört sich wirklich ein bisschen an wie, äh, Coldmirror, ne? Also die haben stimmliche Ähnlichkeit. So, auf jeden Fall, ähm, ich war den ganzen Tag nach der Aufnahme war ich komplett heiser nach dem Schreien, aber komplett von einer Aufnahme. Das war, äh, das war sehr schön. Ach, das war sehr schön. So, ähm, ich mach mal ganz kurz, ich muss die Ärmel hochkrempeln, weil ich werd echt langsam ganz feucht am ganzen Körper. So, Zielkarte 8 und 9. Das macht mir Angst. Ähm, 7. Warte, warte, warte. Karte 7. Warte mal, hier ist Karte 8 und da ist Karte 9. Karte 9 hat auch einen Umschlag dabei, wenn ich das richtig sehe. So. Okay, Karte 8. So. Ach, guck mal. Ach, guck mal, hab ich doch grad, so. Hab ich grad noch erzählt? Guck mal. Und wir haben eine blaue Karte. Also, ja, ich schalte um. Guck mal hier. Warte, warte, warte. In Havis neue Augen wird B-Doris, also Boris, von Gronkh gesprochen. Ja! Sie ist eine liebliche Elfe. Warte, wir können jetzt nur mal 8 abspielen. Ihr hört das, ich wechsle jetzt mal nicht, ich spiel's nur ab. Doris, sie ist eine liebliche Elfe. Ja, das, ja, wollte ich nochmal kurz sagen. Das ist Karte 8. Wir haben also eine Mitspielerin, die aber keine Werte hat. Das heißt, äh, Boris schlägt nicht mit drauf. Und wir haben, oh, meine Konzentration. Konzentration, okay. Pass auf, wir haben noch gefunden Pillen. Das sind die Pillen, die wir gekriegt haben von Doris. Pillen, Zusatz, erhöhen deine Konzentration um 5 Punkte. Und da, jetzt hab ich selber nicht gelesen, aber Pillen. Pillen. Wenn ich die nicht schluckgehält, habe ich mich für feige. Ja, das ist nicht so gut. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken, die Konzentration, die Konzi, ist jetzt auch um 5 gestiegen. Ich müsste das eigentlich alles da eintragen. Und wir haben jetzt... Blau ist neutral. Ja, ja, ja. Blau ist neutral. Die begleitet uns einfach nur. Also, die ist einfach nur ein Charakter, der einfach dabei ist. Ich glaub, die kommen gar nicht mit. So, warte. Oh, oh, oh. Okay, jetzt muss ich in Stereo auch noch was fragen. Ich hab jetzt die Pillen gefunden, ne? Und ich nehme mal an, damit ich nicht imber werde, kann ich mir jetzt wahrscheinlich aussuchen, ob ich den Rollstuhl behalte als Special Item, weil den hab ich ja ausgerüstet gerade, oder ob ich mir die Pillen reinschmeiße. Oder? Ist das richtig? Ja, ne? Ich bin mir fast sicher. Also, ich muss mich entscheiden wahrscheinlich für eins. So, Newspy, dankeschön, lieber Newspy, für 5 Subs, dankeschön. Ähm, ich warte noch ganz kurz. Der Stereo ist der Einzige, der es mir sagen kann. So, warte, warte, warte. Äh, der Umschlag. Lalalalalala, lalalala. Der Mike. Wie, du gibst mir mein Rollje nicht zurück. Liebe Grüße vom Boden. Wenn der Mike schon schreibt, liebe Grüße, dann muss er wirklich verzweifelt sein. Aber ich würde, ah, du kannst nur den Rollstuhl oder die Pillen ausrüsten. Lieber Mike. Ich muss leider beim Rollstuhl bleiben. Weil der mir echt entscheidende, und das weißt du selber ja auch aus eigener Erfahrung, dieser Rollstuhl verpasst einem, äh, verpasst einem, verschafft einem einen ernsthaften Boost beim Angriff. So, deswegen, ähm, würde ich den Rollstuhl gerne nur kurz leihen. Aber ich krieg's auch ein paar Pillen dafür, wenn du willst. Die sind verschreibungspflichtig, sind guter Stoff. Wirklich guter Stoff. Ähm, okay. Die Dame haben wir. Dann würde ich noch ganz kurz eben, ich mach die anderen Fragezeiten. Ne, erstmal, was ist das hier? Das kann ich gut gebrauchen. Du hast Umschlag 2 gefunden. Ähm, das war ein kleiner Briefumschlag, da stand U2 drauf. Ich weiß es genau, aber jetzt hab ich hier alles wieder verquanzt. U2, Umschlag 2. Achso, wechseln. Ich hab jetzt ganz kurz, ich hab, warte, ähm, ich muss wegen jedem Klick immer hin und her wechseln, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe Umschlag 2 gefunden. So, den hab ich gefunden, das war dieses Ding an der Wand hier, dieses komische, äh, hier. Dieses Ding, das ist Umschlag 2. Ich hab vergessen zu wechseln. Ich muss hier wirklich einen Wechselmarathon hinlegen. Das ist Umschlag 2. Wir kriegen das aber, wir kriegen das aber schon hin. So. Okay, Preview-Sicht können wir machen. Ich mach mal, ich mach mal Preview-Sicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Preview. Okay, erstmal Preview-Sicht. Jetzt mach ich hier wieder groß. So. Hä, was ist das denn? Huch? Hä? Ist das von beiden Seiten bedruckt? Natürlich. Stell doch mal scharf jetzt Kamera. Diese Kamera ist wirklich ein Traum. Immer wenn es was zu lesen gibt, bleibt die so. So, warte, warte, warte. Official Merchandise. Mann, Kamera, mach doch mal Official Merchandise. Merchandise hier, Merchandise, Official. Diese Kamera ist echt ein Traum. Was ist denn mit der Häute? Hier. Könnt ihr, oh, hier ist eine Mücke. Könnt ihr das alles lesen? So, ich lese das mal vor. Official Merchandise. Trag Harvey und Co. jetzt immer bei dir. Wähle aus vielen noch unveröffentlichten Motiven deinen Favoriten und bedrucke es auf Kissen, Tassen, Hoodies, T-Shirts und viele mehr. In unserem Daedalic Entertainment Official Merchandise Shop ist für jeden etwas dabei. Leicht zu bestellen und schon in wenigen Tagen ganz bequem zu dir nach Hause geliefert. Auf shop.daedalic.de. Habe ich jetzt einfach mal vorlesen. Ich hoffe, das ist okay. Harvey & Co. Now with you whenever you want. Choose your favorite from many yet unreleased Motives and get it printed on pillows, mugs, hoodies or shirts. Our Daedalic Entertainment Merchandise Shop has everything you ever need. It's super easy to order whatever you want and after. A couple of days it'll be delivered right to you. Shop.daedalic.de So, hier. Hat nicht fokussiert. Ich habe es für euch mal vorgelesen. Ähm, und dafür haben wir noch andere Karten. Hier sind noch Karten, hier. Blau... Was ist denn mit dem Fokus? Blausaft bleibt Blausaft und Braukunst bleibt Zwergensache. Sehr gut. Bin ich sehr mit einverstanden. Das hier ist... Oh, so rum. Das hier ist natürlich... Ah, aus Deponia. Man... Was? Diese Kamera, ne? Ich muss diese Kamera echt mal... Da muss ich mal... Das ist aber nicht normal. Ich habe die ja auch als Vlog-Kamera. Da schaltet die immer scharf. Also normalerweise müsste das eigentlich gut funktionieren. Aber ich glaube, weil wir gerade die andere Beleuchtung drin haben... Hm, 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 okay. Kennt vielleicht der eine. Ne, der Autofokus ist drin. Manchmal, manchmal fokussiert... Hä? Noch einmal. Manchmal fokussiert er ja. Also hier, da sind vier verschiedene Karten. Hier, da, vier verschiedene Karten. So. Wir haben... Vorhin hat sie besser fokussiert. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. So. Okay, und wir klicken jetzt mal... Flupp. Wir klicken jetzt mal ganz kurz nochmal oben rechts in Stereo an. An dieser Stelle möchte ich kurz über den Grundriss reden. Es war sehr schwierig, diesen von der Seitenansicht aus dem Spiel in unsere Darstellung von oben umzuwandeln. Manche Räume waren nicht komplett einzusehen, weil von irgendeiner Seite ja immer die Kamera auf den Protagonisten gerichtet war. Von daher haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Insgesamt hat es zweieinhalb Monate gedauert und damit mit die meiste Zeit veranschlagt. Aber so ließ sich das Spiel am besten umsetzen. Eine große Hilfe war mir hier bei Lolli HD, welcher das Spiel extra nochmal angespielt hat und sich alle Räume und Winkel angeschaut hat. Insgesamt saß ich an dem Paket übrigens seit Mai 2018. Da hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit der Delic. Aber zurück zum Grundriss. Er ist nicht perfekt, er hat ein paar Fehler, aber wir haben uns extra so entschieden, damit die Stockwerke schön übereinander passen und man die Treppen immer wieder als Fixpunkt an den gleichen Stellen hat. Mai 2018. Prost. Mai 2018? Ja, das ist ja... Puh. Das war ein schönes Jahr. Ja, Stiri, übereil dich doch mal ein bisschen. Alter, ein Jahr? Ernst? Aber warum hat das so lang... Also, nicht lang, aber... War das jetzt wegen dem Kommunikationshin und Her oder woran lag's? Weil ein Jahr... Boah, ein Jahr ist aber echt schon... Also, ich frag jetzt nur, ob's vielleicht da irgendwie einen Grund gab, dass sich vielleicht irgendwas verzögert hat. Alter, ein Jahr! Wow! Vollzeit natürlich. Jaja, so seh ich das auch. Alter Schwede. Oh, ich muss das Bügelmikrofon... Das hat sich unter der Perücke ein bisschen verklemmt gerade. Ah. So. Ja, das ist F for Respect. Krass. Das erklär ich noch am Ende. Ich hatte zwischendurch noch sechs Monate Praktikum. Ach so. Na gut, aber natürlich während des Praktikums wahrscheinlich trotzdem noch und so. Und die Stimmen bekommen, Stimmen mit den ganzen Stimmen koordinieren und so weiter. Ich glaub, das wird auch mit Praktikum noch lang genug gedauert haben. Alles klar. Gut. Unter der Türmatte. Nichts. Unter der Türmatte ist nichts. Ein Jahr hat er programmiert und da ist nichts unter der Türmatte. Ich glaub, es geht los. Okay. Gut, hier hab ich übrigens... Hier hab ich... Hier, äh... Da waren die Pillen... Ne. Da war... Was war da drin? Ne. Die Pillen hab ich ja von... Von Doris. Ach, da war diese eine Sache. So. Hab ich ja vorhin gesagt. Was ist das denn hier? Ich kann da nichts entdecken. Da ist doch aber was. Das ist ein Sicherheitsbildschirm. Und hier ist Glas. Glas. Treppe. Huch. Ne. Nein. Da. Nein. Alter. Wie groß ist das? Wie groß ist sie das? Okay, ich geh mal ganz kurz hier. Oh Junge. Sieh mal, wer wieder da ist. Hast du uns etwa vermisst? Du warst ganz schön lange weg. Aber hier ist alles beim Alten. Außer, dass du weg warst halt. Es gab so viel leckeres Essen hier. Lasagne, Kartoffelauflauf, Spinat, Schnitzel, Chicken Nuggets, Pons, Pizza mit Margarita, Pizza mit Salami. Oh, halt die Klappe. Nein, Riet, weiter. Die haben dich nach der Flucht überall gesucht. Dr. Marcel war vollkommen außer sich. Er hat dich hier gesucht, da gesucht, auf dem Platz, einfach überall. Ah, meine Arme ohren, sie soll aufhören. Letzte Warnung, gleich setzt es was. Ich bin heute so glücklich, ich könnte singen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle und jede Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Okay, jetzt reicht's. Der verpasse ich eine. Edna gegen Petra. Alles klar, ich muss Petra verprügeln, aber ich mag Petra. Ich will Petra nicht verprügeln. Und aus Misti glücklich. Widerliche, glückliche Menschen. Ach, ich hasse glückliche Menschen. Ziel, Karte 6. Karte 6 haben wir gezogen. Ich mach ganz kurz hier. Das ist Karte 6. Ähm. Hallo? Ja, das klappt. Ähm. Ähm. Mein Arm. Ähm. Okay, Petra. 47 Lebenspunkte? Von hinten so ein halbtodes Husten. So. Okay, 47 Lebenspunkte. Okay. Macht zum Glück nicht so viel Damage. Ähm. Physischen Schaden 4. Intelligenzschaden 7. Ist das richtig formuliert? Ähm. Und Special Attacke ist, sie heilt sich selbst um 10 Lebenspunkte. Die erste Person, die Edna im Spiel nicht leiden konnte. Ich kann sie nicht ausstehen. Okay. Ähm. Okay. Das wird lustig. Achso, ja. Ich muss ja noch, ich muss ja noch kämpfen. So. Wir haben den Geschwindigkeitsrausch. Durch Mikes Rollstuhl haben wir 9er Geschwindigkeit. Das heißt, wir fangen an. Ich hau natürlich drauf. Mit Kraft. Und das sind 7 Punkte plus einer durch, äh, durch HW. 7 Punkte. Sie ist runter auf 40. Okay. Chauffeur haben wir fertig. Ähm. Wir machen Petra. Petra. Hat jetzt nur noch 40. Also nur noch. Das kann lustig werden. Ähm. Petra wurde schon oft verprügelt. Das hat sie abgehärtet. Deswegen die vielen Lebenspunkte. Alles klar. Gut. Das, äh, erklärt's natürlich. Okay. Wir haben hier gerade eine reingesammelt. Jetzt ist Petra aber. Petra ist aber ein friedliner Mensch. Die greift nicht zurück. Also die, die, die greift ja nicht an. Die lässt sich einfach verprügeln. Also die haben den Kampf eigentlich schon gewonnen. Ich kann schon auf Ja klicken. Aber gut. Ähm. Was? 44 minus 8 gleich 36. Wieso 44? Das waren 47. Die hat aber 47 LP. Was hab ich? Ach ja, minus 8. Ich hab ja 8. Oh, ich hab ja nicht. Ich hab minus 7 gemacht. Entschuldigung. Sie hat 39. Sie hat 39. 39. Entschuldigung. Ja, hab ich ihr einen Lebenspunkt gewährt gerade. Ihr könnt mich, äh, gerne drauf hinweisen. Ich hab jetzt meinen Taschenrechner auch nicht auf. Damit soll ich komplizierte Formeln. Ähm. Ne? Ja gut. Gut. Sie greift an mit einer 3. 3 war mit der Handkante. Ne? Das waren jetzt, also physikalische Damage. 4 Damage macht sie bei uns. Das könnte lustig werden. Edna hat nur noch 6. Ah ne. Wir haben ja einen Kittel. Dadurch macht sie nur 3 Damage. Sie macht 4 Damage minus 1. Also 3 Damage. Und wir haben also 17 Punkte noch. 17 Punkte. So. Hatten wir noch einen XP bekommen? Ne. Wir hatten 2 XP, glaube ich, gesammelt. Wir hatten 2 Gegner bisher. Warte mal. Wo hab ich denn die Gegnerkarten? Da sind die Gegnerkarten. Wir hatten 2 Gegner. Das sind 2 XP. Also wir haben noch kein XP eingesetzt. Okay. Gut. Das heißt wiederum. Sie haben 39 Punkte. Wir haben 17 Punkte. Das wird, glaube ich, knapp. Wir semmeln wieder drauf. Wofür war bei uns die Konzentration noch mal gut? Eigentlich. Da muss ich ja mal gucken. Wofür war die denn gut? Sozialtechnik. Big Daddy. Dankeschön bei Big Daddy. Ich kann es da gerade nicht lesen. Bitte nicht böse sein. Aber vielen, vielen Dank. Konzentration. Wofür war die noch mal gut? Intelligenz. Intelligenz. Spezialtechnik. Konzentration wurde noch nicht erklärt. Okay. Dann ist gut. Okay. Dann wurde das noch nicht erklärt. Bildwechsel lohnt sich gerade nicht. Bildwechsel lohnt sich gerade noch nicht. Weil im Spiel passiert nichts. Wir machen jetzt erst mal weiter. Wir haben, sie hat uns angerufen. Wir semmeln dann jetzt eben mit Kraft zu. Das sind jetzt noch mal sieben plus eins. Also acht Punkte. Das heißt, Petra hat nur noch 31. 31. Okay. Petra hat 31 Punkte. Wir haben 17. Jetzt schlägt Petra aber zurück. Schon wieder mit der Faust. Mit Nummer drei. Macht sie drei Punkte. Also haben wir jetzt nur noch 14. Wir haben noch 14 Lebenspunkte. Mann, ich wünsche, ich hätte jetzt passende Sound. Irgendwelche Battle Sounds oder sowas. Huch, ich habe gespuckt. Ja, ich wünsche, ich hätte jetzt passende Battle Sounds. Okay, gut. Wir semmeln natürlich wieder rein. Wir machen einfach mit Kraft. Immer mit Kraft. Immer mitten rein. Ähm, das heißt, ah ja doch. Ja, klar. Sieben plus acht sind drei, 23. Müssten 23 sein, ne? 23 müsst ihr jetzt haben. 23, glaube ich. Ich glaube, sie hat 23. 31 minus acht, ne? 23. 23. 23. Sie nährt sich uns. So. Kann man den Angriffen ausweichen? Ja, wenn wir eine zwei würfeln. So, wir sammeln wieder volle Möhre rein. Ah, nee, das haben wir gerade gemacht. Sie ist dran. Scheiße. Oh, Doris darf nicht mit angreifen. Nee, nee. Sie haut schon wieder mit der Faust zu. Alter. Aber zum Glück mit der Faust. Warum hat denn Petra, also Petra, ne? Hat Stärke mit der Faust vier Damage. Aber Intellektangriff sind sieben Damage bei Petra? Da fliegt was. Sieben Damage Intellekt bei Petra? Edna hat nur drei. Nur mal so zum Vergleich. Also vielleicht ist sie natürlich super schlau. Das geht natürlich nur. Das geht natürlich. Okay, pass auf. Also. Drei. Wir haben drei Punkte. Schadet sie uns wieder. Wir sind auf elf Hitpoints runter. Langsam wird's kritisch bei uns. Kann sein, dass wir verlieren. Weil's halt nervt. So. Achso. Und wir machen natürlich wieder, wir machen natürlich wieder einmal mit der Faust mitten rein. Acht Schadenspunkte. Acht Schadenspunkte. Sie müsste runter sein auf fünfzehn. Fünfzehn. Das wird trotzdem knapp. Wir haben fünfzehn zu elf. Okay. Okay. Du hast Intellekt zehn. Nein, wir haben Intellekt drei. Wir haben Intellekt drei. Wir sind nicht so schlau. Jeder Damage, den du bekommst, ist minus eins. Haben wir berücksichtigt. Deswegen machen wir gerade drei Damage. Also macht der Gegner drei Damage. Ich zähle, ich zähle immer nur drei ab hier. Ich hoffe, ich habe das nicht vergessen. Aber ich glaube, ich zähle immer nur drei ab. So. Okay. Fuck. Petra heilt sich um zehn Hitpoints. Das ist der Special Move. W5. Sie heilt sich um zehn Hitpoints. Sie hat wieder 25. Oh. Fuck, 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 fuck. Das war nicht so gut. Ach, Intellekt zehn von Seven Days. Ach so. Okay. Na gut. Dann. Ja, wir sammeln wieder drauf. Wir machen acht Schaden. Das heißt, sie müsste jetzt. Warte mal. Ach schon. Ja, siebzehn. Siebzehn Hitpoints müsste sie jetzt haben. Wenn ich das richtig sehe. Siebzehn Hitpoints. Fliehen. Ja, geht leider nicht. Wir können leider nicht fliehen. Ich glaube, wir können aber verlieren. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Da müssen wir, glaube ich, nochmal angreifen, oder? Kann ich mir vorstellen. Okay. Ach nee. Ach nee. Wir sammeln. Ach nee. Wir haben schon reingesammelt. Okay. Zwei aber. Eine Zwei. Wir brauchen eine Zwei. Wir haben eine Zwei. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt wieder reinsemmeln. Mit einer Acht. Und Petra ist auf Neun. Das heißt aber noch nichts, weil Petra kann sich wieder hochheilen. oder, Petra kann sich hochheilen, oder, bitte keine Vier. Ach nee. Doch, wir haben reingesammelt. Bitte keine Vier. Eine Drei. Äh, okay. Eine Drei macht drei Damage. Damit sind wir bei acht Hitpoints. Wir sind immer noch unter ihr. Es kann noch alles passieren. Und selbst wenn wir hier greifen jetzt an, wieder mit acht Hitpoints, sie ist runter auf einen Hitpoint. Aber wie gesagt, das heißt noch nichts. Es ist immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn sie es wieder hochheilt, hat sie wieder elf Hitpoints. Dann, naja. Dann, äh, immer noch das Gleiche. Aber ich glaube, das könnte... Ja, ich kann den Würfel leider nicht einblenden. Ich habe leider keine Kamera von oben oder sowas. Tut mir leid. Aber ich sage, was da kommt. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie behumse. Aber wie gesagt, ich würde mich selber behumsen. Sonst hätte ich hier schon viel auf den Zweigewürfel. So. Eine. Alles klar. Okay. Eine Vier. Wir haben eine Vier. Sie macht sieben Damage, minus eins. Aber, weil wir einen Kittel anhaben, sieben Damage, minus eins. Das heißt, wir haben noch zwei Hitpoints übrig. Es steht ein Hitpoint gegen zwei. Aber natürlich sammeln wir Petra eine rein. Und damit ist Petra down. So. Mit zwei Hitpoints. Schön. Schön. Mit zwei Hitpoints haben wir Petra besiegt. Gut. Aber immerhin. Gut. Das war schön. Autsch. Du musst ja nicht gleich grob werden. So schloss Petra sich hier an. Edna wusste, wie man sich Freunde machte. Kurz nachdem sich Edna beruhigt hatte, ging sie wieder auf Petra zu und befragte sie nach dem Jungen, den sie in der Stadt gesehen hatte. Du suchst den Neuen? Hm. Der ist ganz schön wild. Ich glaube, er wurde nach oben gebracht. Lass uns am besten dort suchen. Stimmt. XP. Wir haben drei XP. Das heißt, wir dürfen leveln. So, ziehe Karte sieben. Wir ziehen erst mal Karte sieben. Ich glaube, wir kriegen Petra jetzt dazu als blaue Karte. Ja, Petra als blaue Karte. Oh. Okay. Also. Doris ist ja nicht aktiv dabei. Doris ist ja einfach nur eine blaue Karte. Aber wir haben einen neuen Mitstreiter bekommen. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, was mit der Kamera ist. Kann ich mit der Hand vielleicht so? Die schaltet gar nicht mehr scharf. Seitdem ich dieses Jesus-Kostüm anhabe, schaltet die gar nicht mehr scharf. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Oh, ist aber ärgerlich. Hm. Deckenlicht plus. Ich probiere. Ja, ich mache mal. Warte mal. Oh, jetzt muss ich hier mit diesem. Komme ich damit überhaupt zur Lampe? Weil dieses Anzieh-Ding ist echt klobig. Warte mal. So, ich habe das Deckenlicht mal ein bisschen mehr aufgedreht. Ich hoffe, das geht. Jetzt wird es hier noch kühler drin. Oh, warte. Ich habe noch eine andere Idee. Ich kann das Deckenlicht natürlich noch ein bisschen... Warte, 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 warte. Ich habe noch eine andere Idee. Warte, warte, warte. Shit, das sind wir da. Entschuldigung. Das ist mein künstliches Hüftgelenk. So. Jetzt müsste es noch etwas heller sein. Ich hoffe... Ich könnte, glaube ich, das noch... Warte mal, wenn ich das noch... Kann ich das noch ganz runter... Nee, kann ich nicht. Okay, das kann ich nicht ganz runterklappen. Schade. Okay. Oh, Alter, ist das warm. So, mal gucken. Geht das jetzt? Wow, die Kamera ist echt goldwert. Ja, immerhin ein bisschen. Okay, Petra passiv. Auf dem Feld platziert. Halt, Petra. Allen Mitstreitern. Jede Runde ein LP. Das ist sehr gut. Hoffentlich labert sie mir nicht wieder die Ohren blutig. Karte sieben. So, ich mache mal ganz so ziel. Zielkarte sieben haben wir gemacht. Passivcharaktere. Eine rosa Karte. Das heißt, du hast nun einen passiven Charakter an deiner Seite. Petra weigert sich zwar zu kämpfen, steht ihr aber trotzdem bei. Damit sie allerdings nicht sinnlos rumsinkt oder redet, finde lieber heraus, welche Fähigkeiten sie hat. Lies dir doch mal ihre Karte durch. Interessant. Petra halte ich also jede Runde um einen Punkt. Das gilt für jeden Mitstreiter, solange jemand auf dem Feld ist, der sie schützt. Hm, wie beschreibe ich das am besten? Ah, ich habe es. Hier. Nimm doch bitte die Unterlage, die in dem Umschlag beiliegt. Siehst du, du hast ein Angriffsdreieck. Bis zu drei Leuten können kämpfen und hinter dem oberen Kämpfer versteckt sich der passive Charakter, der keinen Schaden haben möchte. Solange der Verteidiger auf dem Feld ist, hilft er auch. Ist dieser dagegen kampfunfähig geworden, verschwindet ein passiver Kämpfer und damit auch sein Effekt vom Spielfeld bis zum nächsten Kampf. Natürlich kann der Verteidiger trotzdem angreifen. Er wird auch nicht öfter getroffen. Er steht halt nur vor dem passiven Charakter, wodurch dieser sich sicherer fühlt. Ich habe natürlich alles hier auf dem Ordner liegen. Ich habe nicht so viel Platz. Ich habe hier doch nicht so viel Platz. So, warte. Ähm, das hier. So. Ich habe mir das tatsächlich so gut, so ähnlich, ich wechsle ja schon wieder. Ich habe mir das tatsächlich so, auch so zurechtgelegt. So ein bisschen hier. Warte, warte, warte. Nö, 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 nö. Passiv, lalala. Okay. Passiver Charakter. Angrifftechnik, Angrifftechnik, Angrifftechnik. Besiegte Deck. Okay. Ähm. Ich muss das jetzt aber anders organisieren, glaube ich. Ich werde mir ganz kurz diese Pinöpel, die werde ich mir eben woanders hinlegen. Das sind schon aufgeklebte. Die schmeiße ich weg. Da waren die Aufkleber schon runter. Ähm, die Pinöpel. Wäh. Oh Gott. Was für ein Gefissel. So. Ich brauche, ich brauche einfach einen größeren Tisch. Ich tue mal den Umschlag gerade woanders hin. Hier mit den Pinöpels. Den tue ich mal auf meinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Denn das haben wir alle immer sehr gerne zu Hause. Ähm. Dann. Huste ich professionell. Und lege diese, diesen Umschlag hier lege ich erstmal kurz weg. Ich weiß noch nicht wohin. Ich lege ihn mal ganz kurz nach unten. Und dann kann ich mir das alles hinlegen. So. Wir haben Edna. Angriff. Wir haben Passiv. Hier. Technik habe ich noch gar nicht, glaube ich. Besiegte haben wir hier. Gut. Das Deck habe ich jetzt links liegen. Das ist mir zu groß. Und wir haben hier, äh. Was ist das denn hier? Pillen. Und la la la. Die Grünkarten. Die kann ich ja hier. Die lege ich mit den blauen Karten hier drüben hin. Weil die brauchen wir ja nicht tatsächlich. Oder? Erhöht Konzentration. Das sind ja die Sachen, die wir aufgeklebt haben. Die Grünkarten. Hier. Die haben wir aufgeklebt. Deswegen zumindest ein Teil davon. Von Checker. Dankeschön. Für alle neun muss es sehr bizarr wirken. Ja. Ich glaube die Leute, die hier gerade neu dabei sind, die wissen überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Ich glaube die, äh. Gut. Das haben wir. Technik an. Wir müssen also noch Techniken finden. Jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt nochmal kurz rausgehe. Haben wir was übersehen? Ich krieg nochmal ein bisschen wahllos in der Gegend rum. Ich kann da nichts entdecken. Was ist hiermit? Nichts. Hier ist nur ein bisschen Weg. Ich will nicht auf die Leute nochmal draufklicken. Aber hier haben wir doch eigentlich alles mitgenommen, oder? Da ist nichts. Okay. Hier haben wir Kofferraum. Ist auch nichts. Parkplatz. Auch nichts. Ich kann da nichts entdecken. Hm. Die Fenster habe ich schon. Da war auch nichts. Okay. Ich will mich nichts übersehen. Und ich glaube, wir haben bestimmt schon ein paar Sachen ausgelassen. Weil der Kampf gerade eben war schon. Oder ich hätte vielleicht vorher andere Sachen anklicken sollen, außer die Fragezeichen vielleicht. Oh ja, wechseln wäre glaube ich ganz gut. Ja, wechseln wäre glaube ich ganz gut. Büsche direkt am Haus haben wir schon. Im Sandkasten haben wir gerade schon geklickt. Das haben wir schon. Dieser Igel. Ich muss diesen Igel, aber da ist nichts. Hier die Büsche. Sieh nur, Harvey. Da ist Lilly. Oh, super. Mit ihr haben wir bessere Chancen. Ja, es freut mich auch, dich wiederzusehen. Weißt du, warum ich hier bin? Nein, ich will keinen Sockenladen aus Bisonfell errichten. Lilly. Ganz genau. Es geht um Dr. Marcel. Wir müssen uns ihm erneut entgegenstellen. Du hilfst also? Wow, danke Lilly. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Lilly. Was macht denn Lilly hier draußen in diesem Busch? Was macht denn die Lilly da? Das, da gehören aber kleine Mädchen nicht hin. Wir haben Lilly und Lilly steht uns beiseite als Angriff. Oh. Okay, pass auf. Ich versuche nochmal ganz kurz hier, lalala, reinzublenden. Kriegen wir das hin? Da. Fünf. Lilly. 14 LP. Kraft 4. Intelligenz 4. Konzentration. Ernsthaft? Konzentration 8. So, und wir können Lilly eigentlich noch, ich weiß gar nicht, Kraft, Intelligenz, Konzentration, wissen wir noch nicht genau, was es macht. Ich würde Lilly, ehrlich gesagt, die hat ein Fünfer. Die Pillen steigern die Konzentration um fünf Punkte. Ich würde Lilly eigentlich eine Pille geben. Ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Aber, ähm, Lunachin, du kannst erst mal kacken gehen. So. Ähm, Lilly, ich weiß noch nicht genau, wofür wir die Konzentration brauchen. Solange gebe ich ihr auf jeden Fall schon mal, äh, ein HW. Den HW können mehrere ausrüsten, oder? Den HW können, glaube ich, äh, können, glaube ich, mehrere ausrüsten. Ich hoffe, das habe ich richtig gesehen. Oder kann nur einer den HW ausrüsten? Weil sonst haben natürlich alle plus eins. Stereo, geht das, dass alle den HW haben? Oder kann nur einer den HW haben? Lulululuuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluuluulu einer zur selben Zeit. Okay. Das heißt, Lilly kann, das heißt, wir können jetzt, das heißt, ich kann gar keine Racerbande aus Rollstuhlfahrern aus Rollstuhlfahrern machen? Das geht nicht. Nur einer kann das ausrüsten. Dann würde ich Lilly, glaube ich, die Pillen geben, sobald wir wissen, wofür die gut sind. Weil die hat eh schon so viel Konzentration, dass es sich bestimmt lohnt, bei ihr was reinzuballern. Wobei, Edna hat sogar zehn Konzentrationen. Lilly hat nur acht. Lilly ist Edna in jeder Form unterlegen. Na gut, Zielkarte vier. Das haben wir zumindest. Und wir haben jetzt zwei Angriffe pro Runde, wenn ich das richtig sehe. Sieh nur, Harvey, da ist Lilly. Achso, ja, okay. Oh, super. Hier haben wir bessere Chancen. Gut, Zielkarte vier haben wir gerade schon gemacht. Okay. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Und hier ist ein Baum. Da ist ein Baum. Okay. Gut, ich glaube, draußen haben wir jetzt, äh, draußen, Lilly transformiert bestimmt. Draußen haben wir wirklich alles angeklickt. Es sei denn, hier im Schwarzbereich ist noch irgendwas. Aber das wäre illegal. Ich klicke hier im Schwarzbereich trotzdem mal rum. Einfach nur, weil dem Menschen ist ja alles zuzutrauen. So. Äh, stimmt. Lilly hat eine Intelligenz mehr als Edna. Edna hat Intelligenz drei und Lilly hat vier. Ist ja, äh, ja. Okay, dann Stühle. Ich kann da nichts entdecken. Hm, okay. Ich kann da nichts entdecken. Hm. Ne? Okay, gut. Dann, aber jetzt habe ich wirklich alles angeklickt hier auch schon, ne? Hier ist noch eine Tür. Hier geht es noch runter. Das können wir später machen. Ähm. Dann würde ich jetzt doch mal das Fragezeichen hier. Weil sonst weiß ich nämlich nicht genau. Stereo haben wir hier schon angeklickt. Äh, sonst weiß ich nicht genau. Hier haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles angeklickt. Nanu, du bist ja wieder da. Oh Gott, der schon wieder. Glaub nur nicht, dass ich dich wieder hier rauslasse. Du gehörst hier rein wie kein anderer Patient. Aber ich wollte doch auch rein. Ach, siehst du also ein, dass du eine Behandlung brauchst? Sehr gut, Mädchen. Behandlung? Nein, nun echt nicht. Ich bin eher hier, um andere rauszuholen. So ist das. Dann schlage ich lieber Alarm. Lass die Finger vom Alarmknopf, alter Mann. Auf ihn! Edna gegen Kontrolleur. Der Kontrolleur, okay. Nummer 5, da ist er. So, ganz kurz, wieder wechseln. So, da ist er. Bitte scharf schalten einmal, Kamera, please. Please don't let me in den Stich. Like you used to do. Kamera, 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 Kamera. Wieso klappt das bei Tobi immer und bei mir nie? Das klappt bei Tobi immer und bei mir nie. Kamera, mach! Kamera. Das ist Kamera, ne? Die Ka- Kamera. 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 Das ist echt so ein deutsches Yu-Gi-Oh gerade, ne? Oh nein, er legt die geheime Karte und plötzlich hebt das alles auf, was an das andere... Okay, na gut. Also Türwache. 50 LP! Oh Gott. W3 sind 7 Damage. W4 sind 4 Damage. Ich hoffe, der greift mit Intellekt an. Ähm, W5 ist Taserangriff. 5 Damage und Getroffener muss aussetzen. Edners Kommentar bezieht sich auf weggelassenen Content. Uh, weggelassener Content? Weggelassener Content? Okay, Zielkarte 5. Ah, ich kann die Karte nicht vorlesen lassen. Kampf gewonnen. Okay, wir müssen gegen den Polizisten kämpfen. Gegen die Türwache. Ähm, der Torwächter sozusagen. Ich lege mal kurz das Kartenset beiseite und hole mal. So. Okay. Gut. Hier ist noch Edna mit zwei Lebenspunkten. Jetzt hat sie sich ja wieder regained sozusagen. Und jetzt müssen wir gegen, oh Gott, gegen die Türwache mit 50 LP kämpfen. Und leider auch 7 Damage. Wir haben aber noch, wir haben Petra auf dem Passivfeld, die heilt uns jede Runde um 1 LP. Okay. Das ist nicht viel, aber immerhin. Okay. Ganz kurz, wo ist er denn? Der, der Polizist, ich lege mal die roten Karten, gegen die wir gewonnen haben. Ich lege den Polizisten mal da oben drauf. Okay. Okay. Sonst ist das hier verwirrend gerade. Polizist hat 5. Ähm, das heißt, Edna hat aber den Rollstuhl dabei. Das heißt, mit dem Rollstuhl dürfen wir natürlich direkt draufkloppen. Edna haut direkt mit der Faust in die Fresse. Das macht 8 Schaden. Ja, 8 Schaden, das müsste richtig sein. Warte, ähm, ich schreib da trotzdem mal. Ich mach Polizist, damit das hier nicht eventuell, ne, damit hier nicht gesetzlich und so. Das ist der Polizist. Und der hat 50 LP, jetzt hat er aber nur noch minus 8, jetzt hat er nur noch 42. 42 LP. So. Die Frage ist, jetzt müsst ihr eigentlich Lilly auch nochmal angreifen. Bei ihr ist es egal, mit was sie angreift, die macht immer 4 Damage. Äh, 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 ach ja, oh, wir haben gelevelt. Wir haben ja gelevelt. Stimmt, Level up, hab ich ganz vergessen. Okay, gut, das heißt, bei Edna würde ich auf Kraft gehen. Und Lilly, bei Lilly weiß ich gar nicht, ist mir eigentlich Konzentration, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nämlich noch nicht, was Konzentration macht. Ich würd auf Risiko gehen und bei Lilly Konzentration leveln. Kann ich nur, ah, nur einer levelt. Ah, es geht nur Edna oder Lilly, ah. Dann würd ich aber erstmal Edna, äh, Edna, würd ich erstmal Edna leveln. Ähm. Okay. Wär sonst vielleicht auch zu einfach. Edna hat dann noch eine mehr Kraft und das heißt, der Polizist hat nur noch 41 oder der Kontrolleur, ist ja egal. Ähm, Polizist find ich trotzdem schön. So, okay. Dann haben wir die gelevelt. Hatte ich ganz vergessen. Okay. Lilly kann aber trotzdem angreifen. Und greift aber, da wir ihr ja kein, äh, kein Hafe gegeben haben, den hat der Lilly, ähm, würde sie quasi, erstmal, sie kann eh nur mit 4 angreifen. Das heißt, der Polizist hätte dann, was? Außerdem kannst du darüber entscheiden, wen der Polizist angreift. Okay, das machen wir gleich. Ähm. Ah, das meinte der Jo vorhin. Ah, vielleicht, weil ich gerade eben, äh, weil ich während der Zeit dann schnell dieses Ding da rausgesucht habe. Okay. Okay, gut. Ähm, Lilly greift trotzdem an. Das heißt, der Polizist hat 38, ne, ach, die greift ja für 4 an. Der hat, äh, 37 Hitpoints nur noch, wenn ich das richtig sehe. 37 Hitpoints. So. Der Polizist greift Edna an. So, äh, 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 äh. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Ich meine, bei Edna, äh, bei Lilly ist es egal. Die hat 4 Kraft, 4 Intelligenz. Das ist egal, wie wir angreifen. Ist Wurst. Okay. Dann. Äh, 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 äh. Würde ich sagen, wir rollen. Fuck. Edna kassiert. Und zwar 7 Damage. Der Polizist greift mit W3 an. Physikalischer, physikalischer Schaden. 7 Damage auf Edna, die nur noch 13 Lebenspunkte hat. Ne, es gibt leider keine Kamera für den Tisch, weil ich habe normalerweise so eine Streams ja gar nicht. Äh, äh, okay. Ach ja, der Kittel. Edna hat 14 Lebenspunkte, weil wir den Kittel anhaben. Oh Gott, man muss an so viel denken. Wenn ich mein Notepad nicht offen habe, ist das schwieriger. So. Mit Notepad war das einfacher. Okay, wir hatten ja ein Hemd an. Genau. Okay, gut. Wir haben noch 14 Lebenspunkte. Das heißt, wir können auch einmal in die Fresse getroffen werden. Das ist gut. Jetzt greifen wir aber erstmal den Polizisten an. Das heißt, Edna ballert einfach wieder. Die hat ja jetzt, ach, die hat ja jetzt, ähm. Hä? Die hat jetzt 8, die hat 9 Schaden, macht sie jetzt. Ich müsste eigentlich hier Kraft, ich muss das hier eigentlich eintragen, ne? 9 Schaden hat sie gerade. 9 Schaden. So, ich habe das mal auf die Karte geschrieben. Und Petra heilt auch noch. Das heißt, Edna hat jetzt 15 Punkte. Oh Gott. Pfff, das wird noch lustig. Ähm. Dann. Edna macht 9 Schaden beim Polizisten. Der wiederum hat jetzt nur noch 28 Punkte. Edna hingegen hat 15. Das heißt, sie kann zweimal frontal vom Polizisten getroffen werden. So. Okay. Petra hat alles gemacht. Die hat geheilt. Äh, ne? Alles klar. Gut. Das müsste funktionieren. Ähm. Bäh. Ja, gut. Das wird noch lustig. Okay, warte. Lilly greift ja noch an. Lilly greift den Polizisten auch noch an. Macht 4 Schadenspunkte. Damit hat er 24. 24. Ich hoffe, das kann ich hinterher noch lesen. Ähm. Was? Du solltest Lilly auch Schaden bekommen lassen, da Petra jede Runde beide um 1 heilt. Ja, 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 aber jetzt kann Edna erstmal einstecken, ist kein Problem. Wenn Edna nicht mehr kann, die kann jetzt noch zweimal kassieren, ähm, dann kann Lilly einstecken. Und die kann er wahrscheinlich auch zweimal kassieren, weil sie wird ja auch jede Runde geheilt. Es sei denn, wir werden getasert, dann wird's schwierig, aber ich hoffe mal nicht. Der Pozillist ist dran. Der Pozillist ist dran. Er greift wieder mit 3 an, er macht wieder 7 Damage. 7 Damage, wir haben, es müssten jetzt, minus 1, 7 Damage minus 1, sind 6 Damage, das heißt wir haben 9 plus Heilung sind 10. Edna hat noch 10 Lebenspunkte. Lilly bleibt unverändert. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das war der Pozillist, das heißt, jetzt greift Edna wieder an mit 9 Schadenspunkten. Der Pozillist hat 24, durch 9 kassiert er und hat, Heilung haben wir schon, und hat 15, ist richtig, ne, 15. Ja, er müsste 15 Punkte haben. Wenn Lilly angreift, hat er nur noch 11 Punkte. Das heißt, der Pozillist ist runter auf 11, Edna hat noch 10 Punkte. So, das heißt, wenn Lilly bei Fullhilly nicht jede Runde geheilt wird, macht Petra jedes Mal nur insgesamt einen Heilpunkt mit Lilly 2. Das stimmt, aber wir kriegen das eh, wir kriegen das gewuppt. Der Kaligo hat vorhin noch geschrieben, den schaffst du nie. Ach, Kaligo. So, guckt seit Jahren zu und weiß immer noch nicht, was für ein Imba-Player ich einfach bin. So, okay. Ich sniper den Pozillisten halt weg. So, okay, pass auf. Äh, Pozillist greift wieder an. Mit 4. Er greift mit 4 an, das sind 4 Damage. Das ist nicht so viel. Okay, 4 Damage minus 1 äh, sind 3 Damage, wohlgemerkt. Das sind 7, plus eine Heilung sind 8. Aber Großkopf, du hast natürlich rechts, plus 2 wäre natürlich immer besser. So, wir sind auf 8 Punkte. Das war schön, Pozillist. Und jetzt würde ich sagen, ähm, jetzt würde ich sagen, Edna basht rein mit 9 Punkten. Lilly basht rein mit 4 Punkten. Pozillist ist weg. Wir haben diesen Kampf natürlich gewonnen. Tschüss, liebe Wache. Gewonnen. So, haben wir geschafft. Das heißt, wir haben hier alle Fragezeichen aufgedeckt. Der Pozillist ist weg. Cheater. Nein, das war alles legit. Alles sehr legit. Natürlich meinte er, den Kampf verliere ich, weil es sich natürlich um einen Pozillisten handelt. So. Die Karte vorlesen lassen, das können wir natürlich gerne machen. Welche Karte war das? Das war die Karte 5. Karte 5. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. 5. Türwächter. Man munkelt, er habe keine Hose an. Das wussten wir aber schon. Weil er hier natürlich sitzt, hinter dem Glas. Deswegen. Okay, jetzt ist die Frage. Ach ja, wir haben wieder ein XP bekommen. Äh, XP haben wir auch wieder bekommen. Äh, 1. So. Ach ja, jetzt können wir wieder wechseln. Alles klar. Wechseln wir wieder. Ähm, okay. Jetzt ist die Frage. Wo gehen wir hin? Ich glaube, diese Etage haben wir komplett abgesucht. Ich habe, glaube ich, alles durchsucht, was es gibt. Außer random in Flure klicken. Aber wir haben sonst alles, ähm, wirklich alles angeklickt hier. Bin ich mir fast sicher. Die Scheibe nicht. Okay, jetzt. Okay. Runter geht's nicht, ne? Ich möchte nicht in den Keller. Noch möchte sie nicht in den Keller. Das heißt, ich gehe mal hier lang. Hier ist die Bar. Ich erinnere mich, da ist der Barkeeper. Gegen den kämpfen wir bestimmt nicht. Wobei, und jetzt klicke ich jetzt mal wieder alles an. Erstmal klicke ich mal Stereo an wieder. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, du guckst dich fleißig um. Ich habe einiges versteckt. Hier und da findest du Gläser. Da findest du Geschenke. Die Geschenke sind größtenteils von Dedalick beigesteuert. Wenn nicht, dann steht es auf dem Paket drauf. Aber was erzähle ich dir da? Das hast du auf der Ebene bestimmt eh schon festgestellt. Das ist richtig. Ich hoffe, mit den Mod-Lesern bin ich nicht zu weit gegangen. Ich wollte dich einfach noch ein bisschen mehr suchen und drum klicken lassen. So hat das Ganze auch einen viel größeren Wimmelfaktor. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, da ist noch so eine Lieblings-Messi-Familie. Die könnte man vielleicht auch mal umsetzen. Was hältst du denn davon? Ich sehe, wir verstehen uns, lieber Styrio. Ich sehe, wir verstehen uns. Hatten wir das nicht vorhin auch irgendwie? Hatten wir das nicht vorhin? Die Lieblings-Messi-Familie. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst vor dem Paket. Was kommt denn da an? So ein Umzugswagen. Und dann wird hier die ganze Scheiße einfach abgeladen. Die Lieblings-Messi-Familie. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh weia. Okay, gut. Ähm. Der wusste das schon 2018. Oh. Ähm. Ja. Gut. Dann. Ähm. 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 Genius-Level. Dankeschön. Genius-Level. Salud. Gronka. Weiter. So. Bolle. Zweifel. Ja. Ich lasse mir die gute Laune verderben. Ne. Mach ich auch nicht. Um Gottes Willen. Ne. 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 Okay. Dann machen wir. Wir machen weiter. Was ist das denn hier? Ich kann da nichts entdecken. Nichts. Okay, hier ist ein Teller. Oh, was haben wir denn da? Mod Glas 7. Okay, die Mod Gläser sind sehr gut ineinander verstaucht. So. Ich, äh, packe Mod Glas aus. Da steht auf jedem Zettel, interagiere mit den Spielelementen. Ja, das, das glaube ich aber auch. So. Das Schöne ist, du musst null auf Story gehen, schmeiß einfach irgendwas zusammen und hau einen Dämon dazu. Ja, und natürlich, und natürlich irgendeine blöde, übernatürliche. Tante, die eigentlich niemanden interessiert. Weil alle eigentlich nur wollen, dass Lord Grey Grey und Brandon stattfinden. So, warte mal. Hier habe ich, äh, warte mal. Ach, gucke mal. Äh, warte, warte. Mach ich wieder hier. So, gucke. Kamera. 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 Schön, dass hinten. Ja, wie man sehen kann, da steht ganz deutlich Kami Lurch drauf. Jetzt kann man sehen. Kami Lurch. Da, Kami Lurch. Das sind nicht alles meine Fingerabdrücke. Ich wollte es nur sagen. So. Ähm, ich stelle das mal hier drüben. Kami Lurch. Hallo. Dann, flupp, flupp. Das war Mod Glas 7. Wat, Kami? Ja, Mina, du kommst bestimmt auch noch dran. Da bin ich mir fast sicher. Oh Gott, hier gibt es so viel zum Anklicken. Äh, Waschbecken. Ich kann da nichts entdecken. Nichts, okay. Auch nichts. Ein Klo. Nicht, noch ein Klo. Nein, ein Klo. Da ist nichts. Im Klo ist nichts. Aber faule Game Designer müssen auch hier was versteckt haben. Hier nochmal. Nö. Pissoir. Da ist nichts. In diesem Pissoir. Ich klicke einfach alles an. Alles. Ihr kennt das ja. Das kann ich gut gebrauchen. Du hast Geschenk 17 gefunden. Ja, ich komme. Geschenk 17. Ähm. La, 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 la. Geschenk 17. Sofort gefunden. Einmal kurz Umblendung. Geschenk 17 von Stereo. Himself. The Man Himself. So. Dann, äh, im Klo ist eigentlich immer was. Hab ich auch gedacht. Hab ich auch gedacht. Warte, warte. Jetzt erstmal ganz kurz. So. Dann packe ich mal Geschenk 17 aus. Oh. 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 Ich hoffe, die Pan guckt gerade nicht zu. Die sind so scheiße lecker. Oh, die sind so. Ich liebe Mochi. Ich liebe Mochi. Für Leute, die es nicht kennen. Ähm. Mochi sind so japanische Süßigkeiten aus. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. So diesem gestampften oder geschlagenen Reisteig. Ich weiß es nicht. Und dann meistens mit, äh, mit so einer roten, süßen roten Bohnenpaste. Die aber hört sich komisch an alles. Aber es ist halt super lecker. Übelst ekelhaft? Ne. Es ist super lecker. Mochi sind echt super lecker. Ich hab mir, wenn ich, wenn ich in, ähm, wenn ich in Japan zum Beispiel, hab ich mir einfach nicht Süßigkeiten geholt. Oder sonst irgendwas mit Schokoüberzug oder sonst irgendwas. Ich hab mir einfach immer Mochi geholt mit Bohnenpaste. Voll geil. Oh, die sind so gut. Das ist die beste Alternative zu Süßigkeiten. Die beste Alternative. Voll geil. Stereo, vielen Dank. Ich versteck die hier unter dem Soundpult. Ich weiß genau, einer von euch wird petzen. Einer von euch wird petzen. Und ich werde das sehen auf Twitter. So, gut. Geschenk 17. Das haben wir hier hinten gefunden. Ich dachte gerade, wir haben das im Klo gefunden. Zum Glück nicht. Okay. Ich kann die Konsistenz nicht haben. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ist immer ein bisschen merkwürdig. Man muss sich dran gewöhnen, aber die sind eigentlich echt lecker. Hört auf zu petzen jetzt hier. Mann, was ist hier mit euch? Hier, Flasche. Noch eine Flasche? Noch eine Flasche. Ach so, ich schalte wieder rum. So. Geschmäcker. Da ist nichts. Sind zum Glück verschieden. Hey, was ist das denn? Ich klicke. Ich klicke einfach alles an. Und wir nehmen alles mit. So. Lalalalalalala. Mike ist fett am ablästern auf Twitter. Ganz ehrlich. Wie kommt denn der Mike ohne Rollstuhl an die Tastatur? Das ist die Frage, die ich mir grad stellen muss. Weil. Was? Pan hat's gesehen? Nein, sie hat's nicht gesehen. Die ist nicht da. Die ist nicht im Chat. Die hat's nicht gesehen. Die spielt grad vorlaut. Bitte sag mir, die hat's nicht gesehen. Das Glas, bevor ich das Glas verschicke, lecke ich das vorher noch ab. Das ist nämlich, äh, hier. Wie ihr seht, wessen Glas könnte das sein? Wessen Glas würde man ablecken? Wessen Glas könnte das sein? Keine Schritte. Gut. Natürlich, ihr wisst es schon. Hä? Wer ist das denn? Es ist natürlich Molki. Unser Freund Molki hat auch sein eigenes Glas. Ich tue Molki mal erstmal in dieses Glas. In Kamilurch. Ich hoffe, dass... Naja, ist ja egal. Es sind ja nur Gläser. So, und ich muss auf jeden Fall gleich mal zwischendurch Plattenplatz frei machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich kann hier nicht speichern, ne? Und ich komm auch nicht raus. Das wird schwierig. Ich hab nur noch Aufnahmeplatz für zwei Stunden. Hätte gedacht, das reicht für länger. Aber da wir schon ab 15 Uhr... Äh, ja. Okay. Da ist nichts. Wir kümmern uns später darum. Hier, ist das ein... Was ist... Ist das Pool? Nee. Ich kann da nichts entdecken. Okay, da ist nichts. Hier ist eine Staffelei. Das kann ich gut gebrauchen. Hab ich sofort gefunden. Ich weiß, ich wusste es sofort. Ich hab gedacht... Ist ein Bild... Wenn es was ist, dann ist es das. Hab ich doch. So. Ja. Okay. Oh, ja. Das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Lieber Stereo... Ich hoffe, mir ist niemand böse. Ich muss das Bild leider gerade auslassen. Ich hoffe... Stereo... Du verstehst das. Ich hoffe, das ist okay. Ähm... Sonst fängt hier wieder was an. Aber das Bild ist sehr cool. Das Bild ist sehr, sehr cool. Aber ist gerade vielleicht, äh... Schwierig. Aber ist ein schönes Bild. So. Ich mache das nur, ähm... Damit hier nicht... Und so. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich glaube, ihr wisst Bescheid. Ich... Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Ist gerade vielleicht zeitlich ein bisschen ungünstig. Ja. Ja, ja. Ja. Es ist, äh... So ein... Naja. Ihr wisst schon. Ja. 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 Ja, ja. Ihr wisst, ihr wisst schon warum. So. Jeder weiß, was das für ein Bild ist. Ja, komm. Wir zeigen es mal. Aber bitte fangt nicht wieder die Diskussion an. Wir wollen das gerade mal nicht machen. Ich hoffe, das ist okay. Hier ist das Bild. So. Da ist das Bild. Es ist sehr cool. Vor allen Dingen passen die beiden leider auch sehr gut in die Charaktere rein. So. Gut. Ich hoffe, das ist okay. Zeitlich natürlich, aber gut, das konnte man ja vorher nicht wissen. Das konnte ja keiner wissen. So. Sehr schön. Wir machen aber direkt weiter. Geschenk Nummer 9. Vielen Dank. Und jetzt, äh... Wie bittersüß. Jetzt gucken wir weiter. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. Ich werde niemals wieder weiterspielen. Oh. Ich habe jetzt ganz kurz. Man hat es nicht gesehen. Ich habe... Ähm... Gronkh, ich mag dich, aber solltest du nicht mal zum Therapeuten gehen? Aus welchem Grund sollte ich das wohl tun? So. Ich habe eben darauf geklickt und dann... Ne? Da war ja das Bild drin und dann habe ich da drauf geklickt. Wir waren genau daneben. So. Und wir haben Umschlag 4. Ähm... Oh Gott. Umschlag 4. So. Warte, warte, warte. Gut. So. Na, 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 na. Äh? Wie die meisten erst mal was Versautes gedacht haben. Ja, das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Oh, was ist das denn? Oh. Oh, wie cool. Okay. Warte, 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 warte. Äh. Kann es sein, dass seine Maus nicht aufgezeichnet wird? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Warte mal. Oh. Oh. Oh, ist das schön. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Überhaupt. Und das finde ich so schön. Ich fand das Spiel so wahnsinnig schön. Whispered World war so ein schönes Spiel. Und den zweiten Teil fand ich übrigens auch so unglaublich schön. Oh. Ich hoffe, ich hoffe, da kommt noch... Ich hoffe ja, da kommt noch ein dritter Teil. Und das ist beidseitig bedruckt. Das heißt, auf der Seite sieht man auch noch Spot ein bisschen. Guck mal hier. Ähm, warte, ich... Sieht man das? Ja, guck mal hier. Äh, äh. Ich sehe nichts da. Oh. Wie schön. Hm. So. Ach, Mann. Erinnerung, Erinnerung. Uäh. Ich will jetzt bloß wieder ordentlich zusammenfalten. So. Ja, sehr gut. Ganz vorsichtig. So. Okay. Dann tue ich das mal vorsichtig dahin, damit es keinen Knick bekommt. Ach, schön. Einmal Hass für Erik. Ja, das kann ich verstehen. Oh, Whispered World war schön. Das war echt schön. Ich konnte mich super mit Sadwick identifizieren. Oh, der war... Eigentlich war der aber furchtbar. Es war genau wie Rufus. Der war eigentlich furchtbar. So. Okay. Ähm. Weiter geht's. Umschlag vier haben wir geschaffen. Äh, geschaffen. Wir haben ihn geschaffen. Oh. Oh. Okay. Das haben wir geschafft. Da ist nichts. Im Regal ist nichts. Das kann ich gut gebrauchen. Boah, wie gemein. Das versteckt es hier im Regal. Da ist nichts. Aber da ist was in diesem bunten Ding. Umschlag drei. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Also Umschlag auf Umschlag. Achso. Umschalten. Es war hier im Regal. Hier war nichts. Hier. Aber hier. Hier im Regal war dann was. Trägst du die Haare jetzt öfter so? Ja, das ist meine neue Frisur jetzt. Ich hab gedacht, viele YouTuber haben jetzt bunte Haare. Da kann ich doch eigentlich... Was ist... Oh. Was mag das sein? Ja, warte, warte. Oh. 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 Ist ja echt... Ist echt ein bisschen wie Weihnachten, ne? So, warte. Okay, also wir haben... Ich weiß nicht. Ist es ein Mauspad oder ein Sticker? Es ist zum Aufkleben. Okay. Für Mauspads, glaube ich. Oh, warte. Ich schalte mal wieder um. So. Och, Kamera. Es ist doch das Ding nicht. Da ist doch... Auf jeden Fall das letzte Abendmahl mit Edna-Charakteren. Ne, mit allen Charakteren. Entschuldigung. Mit allen Charakteren. Das letzte Abendmahl. Schön. Schön. Das finde ich, ähm... Sehr schön. So, warte mal. Es wurde gerade gesagt, dass die Maus nicht mit dem Bild ist. Und Gronk zeigt wieder mit der Maus. Ja, weil ich gesehen habe, dass die Maus im Bild ist. Und ihr habt das ja gesehen, dass ich mit der Maus zeige. Ja, ihr wisst Bescheid. So. Ähm. Dann geht es noch... Oh, Shibuya-Power. Ja, das passt sehr gut zu meinem aktuellen Shirt, das man jetzt ja zum Glück nicht mehr sieht. So, hier. Das sind lauter Aufkleber. Und ich habe so ein Regal im Vorraum stehen, vom Studio. Da sind so alle möglichen Aufkleber drauf. Von Commodore und Amiga-Aufkleber. Und so Atomkraft. Nein, danke. So diese ganzen, aus den ganzen Jahren, was es immer so gab an Kult-Aufklebern, sammle ich da immer so ein bisschen. Ähm. Und da würde ich gerne, wenn der mal scharf stellt, den Poki muss ich mir da... Uch, den Poki hier muss ich mir da unbedingt draufkleben. Eigentlich muss ich mir fast alle davon draufkleben. Jetzt aber. Shibuya-Power. Wugi. Drogl-Wächer. Yippie. Ach, schön. Oh, ist das cool. Und hier... Nee, hier unten. Zu und so genommen. Ach, schön. Oh, ist das toll. Ha. So, warte. So. Und dann aber noch... Oh Gott, das sind aber... Ist das alles verschiedene? Oh, das sind alle Charaktere von Deponia, glaube ich, ne? Als Aufkleber. Alle Deponia-Charaktere? Von allen Teilen oder von einem bestimmten Teil? Warte, warte. Warte. Hier. Oh Gott, das sind ja viele. Alter Schwede. Guck mal. Alter Schwede. Alles Aufkleber. Wow. Äh, nee, hier noch. Wow. Uff. Alter Schwede. Gibt's das auch? Gibt's das auch im Deadly-Shop? Pink Elephant. Tuck. Kugel und Rollax. Ah, die waren, glaube ich... Das war, glaube ich, bei Doomsday, ne? Jackalope. Ja, ich glaube... Ja, ich glaube, das ist... Das sind, glaube ich, alle Charaktere von Doomsday. Das ist nicht nur... Ähm, das ist nicht, äh... Oh, die Küken sind auch da. Oh, die Küken. Die Chicks. Oh, ich liebe die. Ähm. Ich finde die okay. Rocko. Band. Peanut. Ah, ja, die Erdn... Oh, die Erdnüsse. Oh, und die Made. Die Riesenmade. Die Riesenmade ist auch dabei. Falls sie jemand kennt. So. Ne, Opfi Pieps ist nicht dabei. Opfi Pieps war im ersten Teil. Aber Ronny. Ronny ist dabei. Spaß! Yes! Ach, cool. Und no future goal. Tack. Ach, schön. Ach, ja. So. Maden mit. So, warte, warte. Ich tue die auch hier hinten hin. Sehr gut. Ich versuche, ordentlich zu bleiben. Umschlag drei. Mal gucken. Ich gucke weiter. Ich gucke weiter hier hinten. Ach, Opfi Pieps war Teil 2. Stimmt, ganz am Anfang, ne? Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Okay. Hier die Schaufel. Zettel. Stifte. Puzzleteile. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Keine Puzzleteile. Hier ein Würfel. Oh, was haben wir denn da? Geschenk Nummer 8. Schon tauche ich wieder ab. Hier ist Geschenk Nummer 8. Lalalalalala. Geschenk Nummer 8. Geschenk Nummer 8. Lalalala. Lalalala. Lieber Guavenmensch, ich kann entspannt einkaufen gehen, aber ich werde beim Einkaufen halt öfter mal erkannt. Das passiert. Zum letzten Mal vorgestern. So. Ist aber nicht schlimm. So. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Hä? Crazy Machines 3. Ich sag halt, der League hat 1000 Spiele. Da hat man nicht immer die Übersicht. Crazy Machines. Okay, warte mal. Wo geht das denn auf? Das ist schon die erste Herausforderung. Wo geht dieses Ding hier eigentlich auf, ohne dass man die Verpackung kaputt macht? Hier. So, warte, warte, warte. Aha. Hier ist auch noch Styropor mit drin. King Cobra Cube. König Cobra Würfel. Okay, ich hab... Was? Okay. Äh, was ist das denn? Warte, warte. Kannst du deinen Mauszeiger größer machen? Klar, ich kann eine Lupe drüber halten. So, warte. Ähm. Aha. Alle 24 Bausteine, diese 4x4x4 Größenwürfels sind mit einer Schnur verbunden. Ist der Würfel auseinandergezogen? Schlange erfordert es viel Geschick und Geduld, dem Würfel seine ursprüngliche Gestalt wiederzugeben. Was? 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 Okay, also ich, ich mach den jetzt mal nicht auseinander, weil ich hab da gerade Dinge gesehen. Ähm. Ich, schnell wieder zusammen. Also man kann ihn auseinander machen und dann muss man ihn wieder zusammenknobeln. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sollte ich vielleicht mal gerade... Äh. Okay, das mach ich später. Die Dinger liebe ich. Das mach ich. Die sind schwerer als Rubikswürfel. Okay. Machen wir vielleicht später, bevor der Stream hier ausfällt, weil sie noch 50 Stunden geht. Ich hab nur noch 1 Stunde 53 Minuten Aufnahmezeit. Oh Gott. Ähm. Und dann muss ich versuchen, schnell rauszuwechseln. Und ich mach Vollbild raus und muss kurz irgendwas löschen. Mike schleicht sich ganz dezent ins Bild. Kann ich ganz kurz eben, wenn wir hier in dieser Übersicht sind, haben wir gemacht. Ähm. Ich würde kurz auf Pause machen. Optionen. Und ich würde ganz kurz Vollbild rausnehmen. Geht das? Ja. Ach, das geht. Okay, gut. Ich muss nämlich mal ganz kurz eben Platz machen. Auf der Aufnahmeplatte, weil sonst, ähm, kriegen wir hier Probleme. Ich bin... Wir machen sofort weiter. Äh. Der 316. Stream. Welcher war denn das nochmal? Welcher war denn das nochmal? Ja. Ich guck mal ganz kurz rein. Warte mal. Hm. Oh, das war noch E3. Hm, das war E3. Okay. E3 haben wir aber alle gerendert, ne? Das heißt, ich kann mir den mal ganz kurz eben löschen. So, dann sollten wir wieder ein bisschen Platz haben. So. Den haben wir, ja. Und jetzt haben wir wieder... Immer noch eine Stunde 52 Minuten. Oh, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Okay, das ist der aktuelle. Was ist hier? Warte mal. Was hab ich da... Hab ich da was gespielt? Das müsste der... Das müsste der Reisestream sein. Von der... Vom Urlaub. Vom letzten Freitag. Das war 317. Das müsste der Stream sein vom letzten... Aber ich müsste doch jetzt... Ah, Datenträger voll ungefähr 8 Stunden. Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Ich mach wieder Vollbild. Flupp. Wie komm ich hier wieder raus? Da unten. Ich seh das nämlich nicht mehr, weil da jetzt Modgläser vorstehen. Äh, vorstehen. So. Nimmst du zum Löschen. Shift entfernen. Immer. Ja. Das mach ich. Also zumindest bei Sachen, wo ich wirklich weiß, dass sie wegkommen. Ah, ist mir warm. Okay. Das müsste alles funktioniert haben. Äh... Hier waren wir, ne? Das kann ich gut gebrauchen. Ich... Achso. Ich hab... Entschuldigung. Ich hab gerade hier drauf geklickt. Hier drauf. Ihr seht den Mausfeil. Ich seh, dass ihr den Mausfeil seht. So, da hab ich drauf geklickt. Nummer 7. Also jetzt kommen wir mit großen Schritten vor. Und wenn ich sage, große Schritte, dann haben wir noch nicht mal die Hälfte hier geschafft. Oh Gott. Ähm. Äh. 7. Hier ist die... Alter, was ist das denn? Oh, ist das ein Spiel? Guck mal. Das ist die 7 von Deadly League. Heilige. Ich bin immer noch ziemlich sprachlos, wie der Stereo das alles gemacht hat. Ja, das bin ich... Das bin ich allerdings auch... Oh. Memoria. Memoria. Der Lenz ist da. Warte, warte, warte. Oh. Schnurps. So. Memoria, die Collectors Edition. Ich muss aber zugeben, die habe ich schon. Ich werde sie vielleicht in Ehren weiterreichen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hab die schon. Ich lass sie aber... Ich lass sie aber eingepackt. Und ich werde sie in Ehren weiterreichen. An jemanden, der das schwarze Auge sehr gerne mag. Vielen, vielen Dank. Oh, schön. Hm. Die ist sogar noch original verpackt. Vielleicht gebe ich auch meine Version weiter. Nein, Quatsch. Ach, cool. Original verpackt noch. Ja. Cool. So. Ähm. Die Stereo-Pakete mache mich echt immer fettig. Geschenk Nummer 7. Das ist nichts. Das ist gut. Hier ist ein Schild. Okay, das ist ein Schild. Hier war das Zelt, glaube ich, von dem einen Typen, ne? Saß da nicht der König drin? Wer ist da? Etwa dieser grausige Junge? Bleib fort von meiner Burg. Nicht, dass sie erneut einstürzt. Getreuer Diener Droggelbecher. Lass das Tor verschlossen. Kein Einlass wird gewährt. Solange das Monster nicht eingesperrt wurde. Hm. Ich muss irgendwie durch dieses Lakentor. Versteck dich nur, König. Ich komme wieder. Da ist der König, habe ich mir gedacht. Gut. Gut, 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 gut. Gut, Knut. Hier ist eine Pflanze. Ich kann da nichts entdecken. Nichts in der Pflanze? Okay, gut. Hier ist der König drin. Wir kommen aber noch nicht rein. Hier hinten. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier reinkamen. Und hier hingen wir hier an einem Kleiderhaken, ne? Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Da gibt es doch Klamotten. Was ist das hier? Ich kann da nichts entdecken. Ach so, auffällig. Da ist doch was. Da ist nichts. Aber da ist doch was. Hm, okay. Ja gut, dann, ähm, hier ist noch ein Fernseher. Ach ja, da stimmt der Raum. Was denn hier? Nichts. Ein Sessel. Da ist nichts. Magal of Skrona. Oh, da geschönt. Warte, ich bin, äh, nee, nee. Ja, 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 ja. Boah, ja, freut mich natürlich noch umso mehr. Oh, viel Dank. Viel, viel Dank. Ja. Drogelbecher unten rechts. Das kann natürlich, oh, stimmt. Aber wir machen, wir klicken erst mal alles an, natürlich. Ähm, Nase juckt. Hey, was ist das denn? Hallo. Ach ja. So. 21 von Stirio. Mal gucken. Unten am Rand das Sofa. Ja, ja, aber jetzt müssen wir natürlich erst mal hier Geschenk 21. Das ist wirklich ein bisschen wie, äh, ist wirklich ein bisschen wie Adventskalender, ne? So. Geschenk, oh, das Kabel rutscht mir wieder in den Rücken runter. Was? Was? Okay, warte mal. Wie sag ich's denn am besten? Wie sag ich's am besten? Also, es steht drauf. Kann man das lesen? Ja, die Kamera, Kamera schaltet wieder sofort scharf. Diese Kamera, die arbeitet beim FBI, glaub ich. Kann man aber trotzdem lesen, oder? Kann man das lesen? Inoffizien, inoffizielles Fan-Merch. Das hast nur du. Jetzt, äh, ja. Es ist das Edna und HW Kartenspiel. Mach doch mal scharf jetzt, Kamera, mach doch mal scharf. Der untaugliche Fuller. Entschuldigung. Was ist das denn? Der untaugliche Fuller. Entschuldigung. Und 88 Tobaks, wie vielen Dank, Entschuldigung. So, warte, warte. Ähm. Mach doch mal scharf. Oh Mann, es ist ein Edna und HW Kartenspiel. Diese Kamera. Ich kündige dieser Kamera. Ich kündige dir. Kamera. Kamera. Diese Kamera ist wirklich sehr gemütlich, oder? Oder ist die ultrahoch erhitzt? Ich trau mich gar nicht, das zu öffnen. Ich öffne es mal einfach. Warte mal. Oh, erlebe neue Abenteuer mit Edna und HW in Kartenform. Damit ihr so gleich starten könnt, sind zwei Decks enthalten. Nutze ihre Stärken und verschiedenen Typen, um die gegnerischen Figuren zu schlagen und den Sieg über deine Freundin zu erringen. Enthält zwei Kartendecks mit je 40 Karten. Was ist denn los mit dir, Stereo? Zwei Spielfeldunterlagen, ein Regelheft und natürlich lustige Kommentare von Edna und ihrem kleinen Freund HW. Hier nochmal, da waren die Regeln. Mann, ich wünschte die Kamera. Ach Mann. Hier, ich... Ich bin auf der Zweifel mit dieser Kamera. Die ist doch nicht, da ist doch... Wenn man das schon macht, dann richtig, schreibt er. So, warte, warte, warte. Ich guck mal kurz hier rein. Ich hab jetzt doch mal geöffnet... Alter. Okay, warte, warte, warte. Also, wir haben hier verschiedene Karten. Ich will die... Oh, ich trau mich nicht, die auszupacken, ehrlich gesagt. Aber die kann man wieder einpacken. Edna, Konrad, Angriff, 40 Damage, 120 LP. Das bin ich. So, das sind zwei verschiedene Kartensets. Hier ist Dr. Horatio Marcel. 120, hat auch 120 LP. Dr. Marcel, mein alter Erzfeind. So, hier sind zwei verschiedene... So. Äh? Nye, nye, nye. So, benutzt doch einfach eine richtige Kamera, wie viele andere auch. Eine Lumix oder Canon. Tigra, wir benutzen hier aktuell eine sehr geile Kamera. Eigentlich, die Sony, diese hier. Aber leider will die gerade nicht. Ich weiß nicht, warum die genau heute nicht will. Es muss wohl mit der Beleuchtung zu tun haben. Ich bin mir nicht sicher, weil hier vorne so ein Dunkelradius ist. Glaube ich. Hier sieht man ja. Glaube ich. Ähm. So, warte, warte, warte. Ich glaube, die Kamera sabotiert dich. Das glaube ich nämlich auch. Das letzte Geschenk ist bestimmt eine neue Kamera. Ich hoffe nicht. So. Wo bekommt man das her, das Spiel? Das bekommt man nirgends her. Tatsächlich. Tatsächlich. So. Okay. Ähm. Versuch mal so. Hey, warte mal. Ich muss selber mal ganz kurz gucken. Okay. Hooray, Schumach. Marcel. Die Torwache. Erst fand ich der hellste, aber der kräftigste. Huch. Noch eine Torwache. Doris mit 60 LP. Die hat aber wenig. Hulgo hat 80. Okay. Ich kann doch mal ein bisschen hier so. Mit Hunter hinterhalten hilft auch nicht. Wir haben das schon alles probiert. Die Kamera ist heute einfach fokussierfaul. Ich weiß nicht warum. Das ist echt störend heute. Ich dachte zuerst, es liegt am Licht, aber irgendwie hat die Liebe auf Sichtshöhe. Ja, ja, warte. Ich mach ganz vorsichtig ihr Gesicht. Nee. Nee, die ist. Ich weiß nicht genau warum. Die heute. Das ist natürlich ärgerlich. Blase. Oh. Kennt ihr noch Blase? Oh. Wie schön. Ha. Okay. Nee, das hier sind andere Karten. Oh, oberen Ignaz. Kinder. Kinder. Hat 80 LP, Angriff, 30 Damage. Alter, die kloppt aber auch gut rein. Von denen gibt es drei Karten. Dann ist hier der Wachmann für 60 LP. Er nimmt an der Therapie für Spieleentwickler teil. Den kennen wir noch aus Edna. Jetzt macht sie scharf. Jetzt hat sie scharf gemacht. Ich probiere mal, ob ich jetzt, ich nutze die Gelegenheit. Äh. Das ist irgendwie komisch. So, da ist der Chauffeur. So, hier. Stiesel. Der Stiesel ist auch noch dabei. Stiesel. So, hier. Der Koch. Den kennen wir auch noch von damals. Ist eine begleitende Karte. So, warte. Und hier. Mächtiger Blocker. Sind halt alles Spielkarten. Sind alles Spielkarten. Das heißt, es ist ein eigenes Edna- und Havi-Kartenspiel. Das ist so in der Form nur ein einziges Mal. Unfassbar. Ja, was machst du mit dem Fingertag? Ja. Ich habe, ich glaube, vorgestern war das. Ich habe vorgestern meine Fingernägel geschnitten. Wie ein normaler junger Mann das macht. Und jetzt war ich aber die ganze Zeit so erkältet und ein bisschen drösig und so weiter. Und ich sitze dann hier unten und gucke und stelle fest, ich habe mir, ich habe einen Fingernagel nicht geschnitten. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt einfach keinen Grund. Ich habe einen Fingernagel ausgelassen. Ich weiß nicht mehr warum. Das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, ich werde langsam, langsam ist es soweit. Langsam, äh, ja. Kenne ich. Echt? Das ist mir noch nie passiert. Passiert mir auch immer mal wieder. Echt? Das ist mir noch nie passiert. Die Pan freut sich. Ja, sie profitiert davon. Weil dann kann ich jetzt noch weiter den Rücken kratzen. So, ist mir auch heute passiert. Echt? Das ist mir noch nie passiert. Weil ich einfach aus der Gewohnheit immer die Fingernagel immer so glück, 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 glück. Passiert mir fast jedes zweite Mal. Echt? Hatte ich noch nie. Aber, ja, jetzt habe ich zumindest erstmal wieder, hier, es ist der Finger, also gut zum Kratzen. Ist doch auch schön. So. Okay, die Felder kennen wir ja schon. Angriff, Angriff, Deck. Ne, das sind diese Dinger hier vom Kartenspiel auch noch. Ja, Kamera wieder ganz vorne mit dabei. Aber die Felder kennen wir ja schon. Alter, ist das cool. So, warte. Und ich glaube, da ist noch eine Anleitung mit bei. Edna und Harvey, das Kartenspiel. So, Inhaltsverzeichnis, was? Oh Gott, so viel zu lesen. Ach, Harvey. Vorwort, Seite 3, Ziel des Spiels. Beginn, das Spielfeld, die Spielkarten, passive Charaktere. Heilige. Das Edna und Harvey Kartenspiel basiert auf den Computerspielen. Edna bricht aus und Harwys neue Augen von Deadly Entertainment. Ziel des Spiels ist es zuerst, die 5-Herz-Container des Gegners zu eliminieren. Dies geschieht durch direkte Treffer und durch das Bezwingen feindlicher Figuren. Und immer so Kommentare darunter. Ziel ist, dass ich gewinne. Von Edna. Gott, das ist mit so viel Liebe gemacht. Wie ist denn das passiert, Harvey? Das ist mit so viel Liebe gemacht einfach. Das ist unglaublich. Wie jetzt? Mehr Witze gibt's nicht? Buh! Damit hau ich sie alle um. Hier sind überall so kleine Ednas mit so kleinen Sprechblasen drin. Auf jeder Seite. Du bist nicht alt, nur zu verbittert. Ja, man merkt es einfach jedes Mal wieder. Diese Verbittertheit. Kann man das Spiel irgendwann kaufen? Nein, leider nicht. Das gibt's nur dieses eine Mal. Juckt die Perücke mit der Zeit nicht mega? Naja, naja, jucken nicht, aber sie ist, äh, ich sage mal, hier unten ist es nicht unbedingt klimatisiert, wenn ich das mal höflich ausdrücken darf. Deswegen ist es schon sehr heiß, natürlich. Zusätzlich noch hier. So, okay. Ach nee, warte, ich bin doof. Ich habe das nicht richtig gemacht. So, was? Lieber Nick, Dankeschön. Nick Vlog, Dankeschön. Ähm. Die Karten müsste ich jetzt eigentlich... Ich tue das erstmal alles hier vorne hin. Dann packe ich es schon mal wieder... Du hast keinen Nagel vergessen, er wächst nur zu schnell. Oh Gott. So, ich tue das hier mal wieder rein. Das tue ich erstmal hier rein. So. Und dann tue ich das später wieder zusammen. So, jetzt mache ich aber erstmal weiter, weil wir werden hier noch ein bisschen sitzen, glaube ich. Das dauert nicht so lang, Gronkh. Ist gar kein Problem, das geht sehr schnell, sagt dir der Stereo. Oh, da bist du, hoppla hopp, bist du da durch. So. Okay, gut. Hab ich das gefunden? Hier, ne? Ich kann da nichts entdecken. Das Sofa, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist... Ja, ja, sag ich doch. Hier ist dann auch nichts mehr. Okay, gut. Was ist hier? Das kann ich gut gebrauchen. Entschuldigung, ja, wechseln. Hier unten, ich habe hier unten geguckt gerade. Hier an dieser kleinen Lampe. Auch da ist wieder was. Wechseln. Können Sie wechseln? So, hier. Hier bei der Lampe habe ich Geschenk 15 gefunden. Es ist... Es ist wie eine Lawine an Geschenken. Oh nein. Oh nein. Eine Tasse hat sich von selber ausgepackt. Oh nein. Ich war es wirklich nicht. Ich war es nicht. Sie ist einfach... ...aufgerollt. So. Mit der Perücke glänzt deine Stirn nicht mehr so. Toll, danke. Okay. Okay. Jetzt. Boah, ist das warm. Höh. Das nächste. Hä? Hä, was ist das denn? Oh, cool. Oh, es sind sogar zwei Sachen. Warte, 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 warte. So. Es geht weiter mit einem weiteren, mit zwei weiteren Geschenken von Dedelick. Und zwar, auf der einen Seite, ich wech... Wechseln. Ich wechsle wieder. Auf der einen Seite... The Art of Deponia. Le Artbook. Das packe ich gerade mal eben noch aus. Weil der ganze Wechsler wird am schwindelig. Ja, sag ich doch. So, warte. Ich packe es gerade mal liebevoll aus. Oh, das geht leicht. Okay, das ist gut. Ähm. So. Und dann mal ganz kurz... The Art of Deponia. Jetzt bin ich mal gespannt. Da knistern. Ein Vorwort von Poki. For... Poki, you are as old as Zork. What may sound like an insult at first is in fact a statement which does not offend me at all. Quite the contrary. It implies that I've spent as much time on this planet as adventure games have. So, da ist ein Vorwort von Poki. Kamera, do your thing. Äh, es ist... Es ist Poki. Äh, es ist Poki. Er ist nur nicht scharf, weil ihr wieder keine GZ gezahlt habt. So, warte. Ähm. Daran liegt es nämlich. Äh. Subscriber sehen hier die Kamera die ganze Zeit scharf. Ich wollte es nur sagen. So. Oh, die Tanzszene. Weißt du noch? Die Tanzszene. Da habe ich so ein Endscreen draus gemacht. Falls sich noch jemand erinnert. Aus dieser wunderschönen Tanzszene. Die war sehr... Die war sehr athletisch auch. So. Ich scroll mal ein bisschen durch. Rufus for President. Chaos on Deponia. Ja. Rufus for President. Ich halte das... Das kann ich ein bisschen entfernt reinhalten. Das passt ganz gut. So. Okay. Und hier natürlich... So, ich mag wieder ein paar Views generieren hier. So. Das ist... Ist aber ein Cosplay. So, warte, 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 warte. Dann schaue ich mal... Ach, guck mal. Mit Original-Poki-Concept-Arts. Da, von der No-Future-Goal. Von der Goal gab es ja mehrere Ausgaben. Und hier von der No-Future-Goal. Das ist das Original, was Poki damals geskribbelt hat. Der hat ja auch Edna bricht aus. Komplett im Alleingang gemalt. Und deswegen sieht man... Man sieht schon bei den Charakteren... Was ist das denn? Das ist natürlich auch für die Views... Ja? Für die Views... Eine fast nacklige Goal. Eigentlich ganz nacklig. Aber sie hält sich natürlich... Die, äh... Brisanten Parts... Die werden zugehalten. Okay, das ist echt sehr cool. Und... Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Kennst du den? Der war hier mal im Stream. Es ist der Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. Ach, das war schön. Ach. Das war... Oh. Oh. Was? Was? Ich möchte das mal ganz kurz verlesen, ja? Not only did the German Let's Player Gronkh lent his voice and looks to Goon, but also his grace and his smell. Seinen Geruch. Seinen betörenden, bezaubernden Geruch. Den hier kennt ihr vielleicht. Der hat auf jeden Fall im ganzen Spiel die hotteste Freundin. Da kann Rufus sich mal gerne hinten anstellen. Wobei, Rufus hat ja gar keine Freundin, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ein bisschen. Ja, ist grad ein bisschen unscharf. Kamera wieder... Kamera-Work wieder auf der Eins. So. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Was? Wo ist da der Fehler? Ich weiß nicht. Ich dachte... Oh. How can I stop? If you never tell me, what is that you find so... I see the humorous. Er ist natürlich der Beste. Er ist natürlich einfach der Beste. Der Janosch. Oh Gott, war er gut. Oh Gott, war der Janosch gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och Mann, das ist so schön, wie sich wieder alles anzugucken hier gerade. So. Und hier wieder Poki-Concept-Art. Ja, ich liebe Poki-Concept-Art. Hier, guck mal, hier. Einfach so hingescribbelt. So. Jetzt mach ich das mal wieder zu. So. Das Artbook. Und aber noch die Säulen der Erde. Ein Lesezeichen. Kamera-Work ist wieder auf der Eins. Kann man das hier sehen? Da ist es so... Ja, sieht man so ein bisschen, ne? Ich glaube, das kann man sehen. Ein Lesezeichen. Sehr gut. Lesezeichen ist immer gut. So. Ähm. Da ist ja das Standard-Gronkh-Foto wieder. Ja, das, äh... Wird gerne verwendet. Ich weiß gar nicht, warum. Warum benutzen die Leute nicht die coolen Fotos von Instagram? Die Auflösung ist doch super. Oh, Alter. Er ist so warm in diesem... In dieser Kluft. Ich lass die nochmal an. Ich hab gerade überlegt, ob ich das ausziehe. Aber ich lass die nochmal an. Und aber ich muss mal ganz kurz hier, ähm... Ah, fuck. Ich meine natürlich, äh, äh, Fakt ist, dass der Kopfhörerbügel... Also nicht der Kopfhörer, sondern von dem Mikrofon, der Bügel, samt dem Brüllenbügel hier mit der Perücke und dem... Und dem Kopfhörer, das zwickt doch langsam mal ein bisschen. Ui, ui, ui. Ah. So. So. Gut, ich trinke noch was. Lala. Lala. Gut. Es geht weiter. Geschenk 15. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir geklickt haben. Hier unten. Da ist nichts mehr beim Sofa. Nein. Hier ist ein Automat. Nein. Okay. Ähm, Seifenspender hatten wir schon. Wir haben, glaube ich, alles angeklickt, was es gibt auf der ganzen Welt in diesem Bild, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, das tut es oft. Aber ich glaube, wir sind soweit durch. Guckt mich nicht an, so beim Trinken, das ist gruselig. Was? So, okay. Dann würde ich sagen, ich klicke mal, wo klicke ich denn mal drauf? Barkeeper. Der ist doch bestimmt nett. Der ist noch gar nicht da. Hier ist kein Barkeeper. Dann gehe ich zum... Das ist doch bestimmt der Bienenmann, oder? Grüß dich, Ätna. Schön, dich wiederzusehen. Ciao. Bienenmann? Du bist immer noch hier? Ja, weißt du, Ätna, es ist zu kalt da draußen. Deshalb überwintere ich lieber in der Anstalt. Du bist lieber hier drinnen als draußen in der Freiheit? Ich bin empört. Ich konnte mir nicht genug Nektar anfressen, um die lange Reise in den Süden zu bewältigen. Nektar, Schmecktar, du musst hier raus. Reisen Bienen denn auch nach Afrika? Oh, afrikanische Killerbienen. Nein, ich wollte nach Österreich reisen, in die Imkerei meines Vaters. Das klingt doch super. Du könntest dort einen eigenen Bienenstock aufmachen. Aber, Ätna, ein Leben in einer Imkerei ist wie ein Leben in Sklaverei. Jährlich werden Millionen von Bienen ausgebeutet und niemand tut etwas dagegen. Wir arbeiten und arbeiten, sammeln Honig und Wachs und dann werden wir beraubt, damit skrupellose Imker sich bereichern können. Glaub mir, Ätna, es gibt kein Bienensterben. Es ist alles ein großer Bienenstreik, der durchs Land geht. Klingt, als kämst du nicht so gut mit deinem Vater klar. Das ist eine lange Geschichte, Ätna. Wir haben unsere Differenzen. Wie wäre es mit deiner eigenen Imkerei? Also mit Gewinnbeteiligung, bezahlten Urlaub, freien Wochenenden. Du könntest etwas für deine Bienenkollegen tun und hier abhauen. Alles ist besser, als hier gefangen zu bleiben. Gewinnbeteiligung? Das Konzept gefällt mir, dass ich selbst nicht drauf gekommen bin. Sehr gut, Biene. Für die Bienen. Für die Natur. Gegen das System. Gegen die Unterdrückung. Gegen Dr. Marcel. Ätna, du hast mir geholfen. Nun lass mich dir helfen. Nutze sie weise, kleine Bienenkönigin. Was? Ziehe Karte 16 und 17. Ja, dann eine österreichische Biene. Ach man, es gibt keinen Bienenstern. Oh, die Karten fallen mir auseinander. Nein, bitte nicht auseinanderfallen. So, warte, warte, warte. Karten 16 und 17. Warte, warte, warte. Warte, 16 und 17. Okay, warte, warte, nicht auseinander segeln, bitte. So, 16 und 17. Okay, ähm, ähm, oh. Ähm. Warte mal, wie geht das denn jetzt? Weil, ich bräuchte dazu doch eigentlich noch einen Umschlag von der 17, oder? Warte mal, warte mal. Ich schalte mal schnell um. Flupp. So, und wir haben den Bienenmann. Bienen. Ich guck mal kurz, ob die Kamera hier vielleicht den Fokus irgendwo anders besser findet. Hm, klappt gut. Dr. Marcel. Ah, nee, der Marcel. Entschuldigung, ich hab grad Dr. Marcel gelesen aus, äh. Hier, aber nicht aufessen. So. Ja, nö, das ist gut. Ähm. Der Bienenmann ist bekannt für seine Kaffeeallergie und seine äußerst nützliche Wachsproduktion. Glaub mir, Havi. Irgendwann wird er seine Flügel ausbreiten und davonfliegen. So, wir haben jetzt aber vom Bienenmann, ja, wir haben Autofokus. Es hat ja schon ein paar Mal geklappt, aber es klappt heute leider zu selten. Ähm, halt deine Hand dahinter, klappt leider auch nicht. So, manuellen Fokus kann ich leider nicht machen, weil dann müsste ich immer hier an der Kamera rumdrehen. Ähm, ich hab die Ecke abgebissen. Oh. So, warte, warte. Ähm, und wir haben jetzt eine grüne Karte, aber für grüne, nee, die ist aber nicht richtig grün, ne? Die ist so züren, wie funks, das ist eine Technik, oder? Ist das jetzt eine Technik, die wir verwenden können? Hier. Da ist es. Giftstich, 5 KP, 3 Damage und ein Giftangriff, welcher in jeder Runde 2 Schaden macht. Mehrfach Nutzung erhöht dies. Okay, das ist, glaube ich, eine Technikkarte, oder? Wenn ich das richtig sehe, weil das ist keine so grüne Karte. Den Bienenmann tue ich mal da drüben rein. Ähm. Mhm, mhm, mhm. Ah, Onkel Jo erklärt es mir, wenn ich auf OK drücke. Warte, dann, dann tue ich nochmal ganz kurz eben, jetzt kommt bestimmt die Konzentration. Der Giftstich kostet 5 Konzentrationspunkte und gibt 3 Damage und einen Giftangriff. Das wird mir gleich Onkel Jo erklären. Wo ist denn... Hier ist... Ähm... Wo habe ich denn... Hä? Oh, das habe ich dann drunter gep... Ah, warte, kurz, ich muss ganz kurz Onkel Jo wieder rausholen, hier. Jetzt wird Onkel Jo wieder was verlesen. So. Techniken. Diese Karte ist Türkis. Das heißt, es ist eine Technik. Mhm. Ich glaube, damit sollten wir auch endlich alle Farben durchhaben. Sehr gut. Endlich kann ich dir erklären, was es mit der Konzentration auf sich hat. Der dritte Wert auf deiner Karte steht nämlich dafür, wie viele Techniken du verwenden kannst. Mhm. Giftstich vom Bienenmann verbraucht 5 KP, Konzentrationspunkte. Mhm. Du kannst ihn also nicht endlos einsetzen. Nein. Wie deine LP füllen sich die KP jedoch auch nach dem Kampf wieder auf. Mhm. Warum die da in römischen Zahlen abgebildet sind? Na, weil du diese auch beim Leveln erhöhen und einen weiteren Strich dahinter machst. Nice. Im Gegensatz zu Items verbrauchen diese Spezialangriffe jedoch eine Runde. Du kannst also nicht im gleichen Zug angreifen und die Technik benutzen. Es geht nur das eine oder das andere. Mhm. Leuchtet ein. Ja. Er wird da gerade um. Ich hab's gehört. Jede Figur kann nur eine Technik nutzen. Du kannst diese zwar wie Ausrüstung hin und her schieben, sodass Lili mal den Giftstich nutzt und dann wieder Edna. Aber dies geht nur vor oder nach dem Kampf. Damit solltest du endlich wieder all deine Erinnerungen an frühere Prügeleien zurückgehalten haben. Mehr kann ich dir nicht beibringen. Tut mir leid. Aber ich drücke dir auch weiterhin die Daumen. Auf geht's, Edna! Tschüss! Ach, schön. So. Okay. Nun, wo du eine Technik ausführen kannst, schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispielkampf an. Hier gibt's noch einen Beispielkampf. Aber ich glaube, entweder kommt das später oder... So. Danke, Onkel Jo, auf jeden Fall. Das war der Onkel Jo. Oh, das ist alles so skurril. Was ist denn hier los? Diese Übermotivation. Ja, Mann. Oh, warte. Ah, diese Perücke. Jetzt zwickt die Perücke doch langsam wieder. So. Okay. Ach, das kommt erst noch. Alles klar. Dann wissen... Das haben wir uns schon zusammengereimt. Das kriegen wir schon hin. Hier ist noch ein Paket. So. Ich hab ja überall so kleine Tütchen rumfliegen. Wenn hier mal irgendwann die Polizei kommt, dann denken die doch bestimmt jetzt was los. Ach so, ja, wieder so ein Medientyp. Okay, gut. Wie viel Zeit bleibt? Wir haben wieder acht Stunden. Ich hab ja zwischendurch was gelöscht. Der Bienenmann hat uns eine Technik hinterlassen. Und zwar den Giftstich. Den Giftstich. Ich leg mir den mal kurz auf links. Den könnte Lilly gut einsetzen, weil die nicht so viel Damage macht. Und die hat Konzentration. Nicht so viel wie Edna. Aber ich glaube, das passt ganz gut dann. So. Einfach surreal. Hier ist einfach alles... Das ist wirklich komplett surreal. Weil hier einfach alle Welten irgendwie zusammenkommen. Das ist alles so schräg. Ach, jetzt können wir auch zum Barkeeper. Das heißt, wir kloppen uns bestimmt mit dem. Oder musste ich erstmal durch diesen Raum, damit ich da hinten rein kann? Das kann natürlich sein, dass ich erst Räume durchqueren muss. Dass ich erst durch diese Tür musste, um dann da hinten durchzugehen. Das kann natürlich sein. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, hier unten nochmal gucken. Ja, wir geben Lilly die Pillen. Das ist eine gute Idee. Lilly kriegt die Pillen. Ich stöpfe mir mal kurz eine auf den Finger. Okay. Meine Hand ist nicht so schwitzig, wie ich dachte. Ich gebe Lilly die Pillen. Dann kriegt sie nämlich plus fünf Konzentration. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Plus fünf Konzentration. So, warte, warte, warte. Jetzt haben wir die Pillen. Und die gebe ich Lilly als... Pille war grün, ne? Pille ist keine Waffe. Pille ist extra Item. Huch. Alice. Dankeschön, lieber Alice. Viel, viel Dank. Merci. So. Wie lange willst du noch machen? Wenn du jetzt zwei Uhr sagst, raste ich aus. Zwei Uhr. Viel Spaß beim Ausrasten. Äh, gut. Dann haben wir das. Lilly hat jetzt wie viel Konzentration? Die hat fünf Konzentrationen mehr bekommen. Sie hatte gerade noch acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt hat sie 13. Jetzt 13 Konzentrationen. Okay. Gut. Die werde ich gleich brauchen, wenn das hier so weitergeht. Ähm. Dann. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Fragezeichen aufdecken. Ähm. Hier. Hey, buddy. What do you do here? Äh, was? Ist das Hello? Oh, pretty sick then, huh? Don't be nervous, Kindchen. Ich bin kein schlimmer Bube. Okay. Was machst du hier? Ich crafte. Bastel Sachen, you know? Nimm meine Auszeit from the computer. Okay, dann viel Erfolg dabei. Hey, wait, buddy. Hier. Take dieses Geschenk. Softmate, versteht sich? Ähm. Danke. Bis später dann. See you later, girl. Das ist auch so Hello. Also der Macher. Der Erfinder von Larry. Und der hat Englisch reden. Ist das Hello? Okay. Zielkarte 13. Was ist denn mit diesem 13? Wer hat sich denn sowas gemerkt? Wer, wer merkt? Weil ich, weil ich, ich mach das hier seit 10 Jahren, ja? Seit 10 Jahren. Und dann droppe ich mal irgendwo in diesen 10 Jahren in irgendeinem Nebensatz diese Information über diese drei L's im Leben, ja? Das war L Low, L Bundy und Weird L Jankovic. Das sind so die drei L's meiner Kindheit quasi, die mich auch ein bisschen geprägt haben. Das erklärt vielleicht einiges. Und dann steht hier, warte. Und dann hier. Warte. Sieht man jetzt. Sieht man nicht, glaube ich. Oh Mann, jetzt zeig doch mal. Oh, Kamera. Das wissen Leute noch. Echt? Wieso wissen Leute noch? Ich hab das mal irgendwann nebenbei gedroppt. Und da steht, da steht auf jeden Fall. Hier, so, da. Und da steht einer der drei, warte mal, einer der drei großen L's in Grongs Leben. Und Edna drunter. Muss man den kennen? Ja. Ja, muss man. Ich lass Edna gleich vorlesen, weil wir merken uns alles. Oh Gott, ich darf gar nichts sagen. Oh, ist nicht gut, glaube ich. Das wird alles gegen mich verwendet. Das ist einfach L Low. Hier kommt alles zusammen einfach. Das ist so ein Schmelztiegel aus allem hier gerade. So, ey, komm, L Bundy ist Kult und Ende. Das hab ich doch gerade gesagt. Die drei großen L's, die meine Kindheit so ein bisschen geprägt haben. Deswegen sag ich das doch. So, das ist positiv gemeint. Hab ich öfter erzählt? Nein. Ich hab das einmal erzählt. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr mehr wann. Oder vielleicht zweimal. Weil ich manche Dinge doppelt erzähle. In den zehn Jahren. So, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesagt hab. So, warte. Geschenk sechs. Oh Gott, jetzt hab ich Angst. Von Stereo. Ich habe Angst. Mein größtes L ist, oh ja, Aldi Man. Hab ich das auch mal erzählt? Aldi Man? Hab ich die Geschichte auch mal erzählt? Wahrscheinlich, ja? Ich nehme mal an. Ich war damals... Was ist das denn? Hä? Klar, ob ich das erzählt. Alles klar. Aber das hab ich nicht mehr ver... Was ist das denn? Hä? Hä? Warte mal. Hä? Man muss übrigens dazu sagen, ja, Stereo ist der Wahnsinnige, der mir auch diesen selbst gebastelten Fallout-Helm letztes Mal in das Fallout-Paket gelegt hat. Einen riesigen Fallout-Helm mit Licht und diesem komischen Funkgerät-Ding da drin. Dieser Wahnsinnige. Ich weiß noch nicht genau, was es gerade ist. Uah. Hier steht drauf, Diskette-Type 2,4 MB. Oh, ja. License-Internal-Code. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Da ist jetzt... Da muss ich aber mal ganz kurz... Ja, da muss ich ganz kurz mal intervenieren. Hier, ich lese mal kurz vor. Diskette-Type 2,4 MB. Gut. License-Internal-Code. Property of LucasArts. Leisure-Sweet-Larry 4. The Missing-Floppies. LucasArts. Stereo. Also das ist natürlich... Da muss man natürlich... Hat eine Diskette nicht 3,1 MB? Nein, gar keine. Die 5,25 hatten 1,2. Vorher 360 KB, dann 1,2. Vielleicht ist die gelocht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Larry war Sierra. LucasArts war Monkey Island. Oh, hier ist was abgegangen. Halt mal. Ich mach mal kurz, äh, hier den hier. Warte, warte. Da ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Ich weiß nicht, wie... Ich weiß nicht genau, wie die leuchtet. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Aber da ist eine Lampe drin. Hä, toll und schön kaputt gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das Ding unten schon runtergerieselt. Eine Lampe. Und hier kann man aufmachen. Achso, und die Lampe rausdrehen. Und, äh, vielleicht eine Batterie... Ah, da kann man Batterien einsetzen. Ah. Okay. Huch, aber hier steht noch... Hä? Hier steht aber trotzdem, Diskette-Type 2,4 MB. Tatsächlich. License Internal Code, Property of IBM. Machine, Pibapo, Microcode, IBM Corporation, 1986, 1994. All rights reserved. Von was ist das denn? Das sind... Das sind... Ach, das sind echte Disketten. Das waren echte Disketten. Oder was? Ich glaub, das waren echte Disketten. Das hat der aus... echten Disketten gemacht. Die kenn ich. LED-Reiselicht fürs Zelt in Form einer Birne. Mysterio, du bist doch echt bekloppt. So, du so... Was soll ich denn da noch sagen? Da hab ich ja langsam keine Worte mehr für. Okay, warte. Ich muss gucken. Ich dreh das mal um. So, das ist ein bisschen wackelig. Ich leg das mal auf den Kopf hier hinten hin. Auf eine gerade Fläche. Gut. Ah, ist ja unglaublich. Sind das nicht die 3,5 Zoll Disketten? Nee, nee, das waren 5 und Viertel. Die 3, äh... Die 3, äh... Die 3, äh... 5 Viertel, 3,5. Ja, Entschuldigung, hatte gerade einen kleinen Aussetzer. Äh, die 3,5 waren diese kleinen Plastikdinger. Das muss ich gerade nochmal ganz kurz überlegen, weil es gab ja noch die ganz großen, schlabbrigen. Das sind aber wiederum ganz andere. Aber die hatte ich auch selber nicht. So. Okay, gut. Ich mach Licht schnell wieder an. Flup. So. Genau, die 3,5 hatten 1,4 Megabyte. Davor aber noch 720 Kilobyte. Noch davor. Damit hatte ich dann angefangen. Also ich hab eigentlich mit 360 Kilobyte-Discetten angefangen. Mit den, mit den, äh... Mit den schlabbrigen, mit diesen Dingern da. Damit hab ich angefangen. Nee, eigentlich hab ich angefangen mit Kassetten. Oder Datasetten, wie wir sie früher genannt haben. Sag mal, wo ist denn dieses Kabel hier? Ne? So. Gut. Gut. Nö, 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 nö. Hast du den neuen Teil von Ninja Street Larry gespielt? Ich hab ihn nur angespielt bisher. Ich hab ihn noch nicht durchgespielt, weil ich ihn aufnehmen wollte. Aber ich hab Larry 5 irgendwie fast durchgespielt. Und er spielt schon, ist aber noch auf dem alten Rechner. Oder auf der Platte vom alten Rechner. Die muss ich nochmal irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Ich muss ihn erstmal aus den Untiefen. Die Platten waren wirklich, da waren wirklich viele Platten mit viel Zeug drin. Ähm, die muss ich erstmal finden. So. Kilobyte, damit kommst du heute sehr weit. Ja, das ist richtig. Das ist völlig richtig. So. Okay, pass auf. Die Biene haben wir ausgerüstet. Das haben wir schon gemacht. Zielkarte 13 plus Geschenk 6. Das war so völlig besch... Wieso sitzt er low? Gut, ich frag aber nicht. Okay, hier auf dem Sofa. Das gibt bestimmt wieder einen Kampf. Du wirst mich nicht aufhalten, alter Mann. Ätna, mein Kind. Bist du es? Das ist doch... Bist du etwa auch einer von Dr. Marcel Schergen? Aber nicht doch, Edna. Erkennst du mich denn nicht? Doch, ich erkenne nicht. Oh, warte, warte, warte. Äh, warte, warte. Wie kommt er mir bekannt vor? Äh... Vielleicht, weil mein Anzug fehlt. Und mein Hut. Hier unten da. Wer könnte das nur sein? Ich habe dir meinen Kleiderbügel gegeben und die Batterie des Lieferwagens mit Strom versorgt. Erinnerst du dich? Vielleicht sollten wir ihm zuhören. Ich bin's. Der Alu-Mann. Der Bart erinnert mich an Mario. Du weißt schon. Alu. Der Alu-Mann. Alu-Mann. Das Energiewesen. Alu? Ach, stimmt. Alu, alte Socke, wie geht's? Ach, Edna. Mir geht's gut. Nur bin ich... Bin ich müde geworden. Von der Mops-Challenge. Weißt du, es gibt gute Neuigkeiten. Ich soll entlassen werden. Die Therapie hat wohl gewirkt. Das glaube ich nicht. Warte mal. Wurdest du nicht vom Blitz getroffen? Oh, das hast du mitbekommen. Das war kurz, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Als der Blitz mich traf, fühlte ich mich eins mit dem Universum und ich war so stark wie nie zuvor. Doch als er mich verließ, war ich müde und leer. Mops-Challenge. Der Doktor meinte, dass meine Krankheit auf einen Stromstoß bei Arbeiten an den elektrischen Leitungen beruhte und der Blitz mich kurierte. Währenddessen dachte Edna sich... Nanananananananana... Fande! Nanananananana... Fande! Ich glaube allerdings, dass es sich wie bei einer überladenen Batterie verhielt. Der Blitz hatte einfach zu viel Power und mein Energiespeicher zerstört. Und da ich nun keine Kräfte mehr habe, hält man mich für normal genug, wieder nach Hause zu gehen. Oh, es kommen also doch Leute hier raus. Coole Sache, Alu. Es freut mich, dass du dich für mich freust, mein Kind. Doch Edna, sag, warum bist du wieder hier? Wir suchen nach einem Jungen. Und einem Hasen. Weißt du, wo er sein könnte? Leider nein. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Pass auf dich auf. Die Wachen sind aufmerksamer als früher. Zierkarte zwölf. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht, äh... Was? Sein Gate und Kompressor war so schlecht eingestellt, an der Hölle das abzumischen. Was? Was? Aber Funk hat auch immer so diese intensive Stimme. So. Nachdem ihn ein Blitz erwischt hatte, wurde er zu einem Energiewesen, verlor die Kräfte jedoch schnell. Das ist Alu, die alte Rinde. Oh, warte, warte. Hier, damit ihr das richtig scharf seht, ich mache mal... Das ist aber... Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das... Das ist schwierig. So, warte. Kann man trotzdem nicht... Boah, Alter, ich bin voll verschwitzt hier hinten. Voll der Ölmann. So, okay, warte. Ich mache das vielleicht mal wieder Preview hier. So, ich versuche es trotzdem weiterhin so. Die Kamera ist... Ich werde die nachher verprügeln, die Kamera. Das mache ich nachher. Boah, Alter, ich bin voll am Schwitzen. So. Okay, ähm... Das ist Karte 12. Die haben wir. Inzwischen haben wir einige, ne? Petra 2, Doris, Pillen, Rollstuhl haben wir gemacht, Kittel haben wir gemacht. Alu... Ah, das ist Alumann. Alumann. Das ist ja Alu, die alte Rinde. Ja, Alumann. Das war Alumann. So. Boah, Juhafu. Da ist einfach mal der Funk im Spiel. Und ich habe gerade noch gedacht, ich habe gerade noch gedacht, ähm... Ob wir bei dem vielleicht jetzt als Waffe noch einen Pfanner Eistee kriegen. Das wäre... Vielleicht würde, würde, aber hätte, wäre, könnte, ne? Aber vielleicht auch ganz gut so. Okay, gut. Ähm... Nimm, 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 nimm. Ähm... Was? Zieh bitte deine Sachen aus, du kommst nicht mehr klar. Ja, ja, ich schwitze ein bisschen, aber ich finde, es verschafft dem Ganzen diese gewisse Atmosphäre hier so zu sitzen. Das ist genau die richtige Edna-Atmosphäre hier. So, nur so. Also, ich könnte auch Cosplayer, man verwechselt mich schnell immer mit Edna, wenn ich mich so anziehe. Wobei, Edna hat ja auch nur eine Unterhose drunter, ne? Hm... So. Okay. Okay, okay, gut. Dann, diese Kabel hinten, äh... Irgendwann werden die mich strangulieren, wenn das eine Kabel hier gerade um den Hals geht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die werden mich bestimmt irgendwann strangulieren. So, war das jetzt der Insatisfactory angesprochene Auftritt? Ja, ich glaube, das war der. Ich glaube, ich glaube, da war der Funk beim Casting. Ich bin mir fast sicher, das war's. Ach, aber wie schön und wie liebevoll hier einfach alles ist und wie hier einfach alles drin ist. Unglaublich. Hm. So. So, ist beim Aluman der Originalsprecher oder Funk? Das war gerade Funk. Das war gerade der Funk. So, gut. Jetzt hier erstmal... Och. Und ich glaube, die Strähnen hängen mir auch irgendwie im Bart. Ist egal, wir spielen jetzt weiter. Was ist das hier unten für ein Fragezeichen? Wir müssen mal wieder kämpfen, ne? Ich habe Angst. Du? Was tust du denn wieder hier? Sie sagten, wir seien dich endlich los. Das Telefon. Was hat er denn? Was ich habe? Nur wegen dir musste ich den schlimmsten Moment meines Lebens erneut durchstehen. Auch wenn das alle anderen anders sehen. Du bist ein Monster. Eines, das mit dem Finger in die Wunde sticht. Äh, redet er von dir oder von mir? Äh, ich weiß nicht, aber es klingt nach Spaß. Spaß? Siehst du? Genau das meine ich. Es wird Zeit, dass dir mal jemand eine Lektion erteilt. Etna gegen Juppie. Der Juppie. Ich habe gerade den Namen überlegt. Der Juppie am Telefon. Ziehe Karte 14. Es geht weiter. Juppie hat 60 Lebenspunkte. Was? Sieh mal, Juppie. Es ist ein Junge. Was? So, Juppie. Da ist der Juppie. Mal gucken. Ja, kriegen wir scharf. Juppie, 60 Lebenspunkte. Ist nicht besonders stark auf der Brust. Macht nur 4 Damage mit dem Arm. Sein Intellekt macht unglaubliche 8 Damage. Aber vorausschauen. Sein Special Move ist vorausschauen für 5 Damage. Und minus 5 Kraft für 2 Runden. Wer soll sich das alles merken? Juppie verlor all sein Geld, als sein Sohn auf die Welt kam. Und der einen Anruf verpasste. Sieh mal, Juppie ist sein Junge. Oh, ho, 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 ho. Okay. Schön. 60 Lebenspunkte. Der Typ 60 Lebenspunkte. Der ist voll das Hemd. Okay. Den Juppie. Verprügel ich mit seinem eigenen Telefonhörer. Okay. Ziehe Karte 14. Ach so, ich muss hier jetzt kämpfen. Juppie. Juppie hat 60 Lebenspunkte. Die Türwache hat 50 Lebenspunkte. Juppie hat 60. Also wie das hier zusammenhängt, das weiß keiner so genau. Offenbar hat Juppie in Steroide investiert. So, seinen Sohn wird er immer im Herzen tragen. Okay. Gut. Das harte Leben auf der Straße nach dem Verlust all seines Geldes hat ihn abgehärtet. Gut, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Okay. Legen wir los. Nächste Runde. Ich werde mich wirklich selbst strangulieren mit diesem Kabel hier. Ich muss das mal irgendwie, ich mache hier mal eine Halskette draus. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sieht jetzt modisch natürlich aktuell aus. Leute werden mich fragen, wo ich die Halskette her habe. Juppie hat 6 Punkte, 6 Speed. Das heißt, die Reihenfolge ist wie folgt. Edna fängt an, weil die immer noch im Rollstuhl sitzt. Die ist sehr schnell. Das heißt, Edna boxt ihm erstmal eine rein für 9. So, Juppie mache ich hier nochmal mal. Juppie. Die boxt ihm eine rein für 9 Lebenspunkte. Daraufhin hat er nur noch 51. So fängt das Ganze an. Jetzt ist Juppie dran. Die Halskette. Oh, die. Schön, dass ihr fragt. Das ist Gucci. Oh, das ist Gucci. Ja. Ja, ich habe dann telefoniert mit ihm. Und er hat mir dann auch alles erzählt. Oh, es war so schön. Okay, warte. Gefunden auf otto.de. Gut. Juppie. 51 Lebenspunkte. Jetzt geht es aber erstmal auf die Fresse. Ja, Spaß ist vorbei. Jetzt geht es auf die Fresse. Juppie greift an. Juppie ist sauer. Oh, der greift mit einer 3 an. Seine schlaffen, kleinen Spaghetti-Arme. Nee, Lilly kommt später. Lilly hat weniger Speed-Punkte. Juppie ist zuerst dran. Lilly kommt hinterher. Lilly ist leider nicht so schnell. Lilly kommt erst danach dran. Das heißt, ähm, Juppie greift an. Für 4 Lebenspunkte greift Lilly an. Minus 1 Lebenspunkt, weil sie noch einen Kittel anhat. Sind das dann gerade mal 3 Damage. Edna ist rund. Nee, habe ich Lilly gesagt. Nee, er greift Edna an. Edna ist gerade mal runter auf 17 Lebenspunkte. Wobei das halt echt, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist nicht so viel. Also, die beiden Mädels sind echt schwach auf der Brust. Ähm, jetzt ist Lilly dran. Lilly würde ich sagen, der hat 51 Lebenspunkte. Lilly hat 13 Konzentrationen, würde mit dem Angriff 4 Lebenspunkte abziehen. Aber der Giftstich vom Bienenmann macht 5 Trefferpunkte. Ach nee, der macht 3 Trefferpunkte. Okay. Ich würde, ich würde mit dem Giftstift trotzdem mal öffnen, ne? Ja, ja, ja. Petra wäre halt ein krasser Tank gewesen. Das glaube ich auch. So, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, Lilly macht erstmal einen Giftstich. Daraufhin verliert sie 5 Konzentrationen, hat noch 8. Das muss ich mir gerade merken, weil ich kann mir das sonst nirgends aufschreiben. Ich bräuchte wirklich ein Notepad hier langsam. Ähm. Und er kriegt jetzt erstmal 3 Damage. Und in jeder Runde 2. Das heißt, oh Gott, ich muss mir das alles merken. Das heißt, der Juppie ist jetzt runter auf 48 Lebenspunkte. Äh, 48 Lebenspunkte. So. Ja, ja, ja. Und Petra stellt jetzt einen Lebenspunkt wieder her bei Edna. Das heißt, wir haben 18. Edna hat wieder 18 Lebenspunkte. Gut. Das ist ja schon mal gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Jetzt würde ich sagen, Edna semmelt ihm noch voll eine rein mit 9 Schadenspunkten. Haut ihm wieder voll in die Fresse, dem Juppie. Äh, 9 Schadenspunkte. Das heißt, er hat noch 39. Ne? 39. 39. Ne? Ist richtig? 39. 39. 39. 39. Ist richtig, oder? Oh. Ich glaube, 39. Also, ihr müsst, ihr müsst mitrechnen, Leute, weil ich bin, es müssten aber 39 sein. Ich habe nur mal Angst, dass ich falsch rechne. Und dann stehe ich wieder da wie der, ne? Also, eigentlich wie immer. Es ändert sich nichts. Okay. Edna hat ihm eine reingesemmelt. So, jetzt ist Juppie wieder drin. Juppie würfelt. Juppie hat eine 4. Juppie greift mit seinem Intellekt an. Das heißt, er macht 7 Schadenspunkte bei Edna. Edna ist runter auf 11. Das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Okay. Ähm. Und jetzt kriegt, Lilly greift an. Der Giftstich ist aber noch aktiv. Lilly. Lilly macht noch einen Giftstich. Weil das sonst kritisch wird. Oh, Alter. Der ist. Das wird, glaube ich, schwer, ne? Wenn das mal weitergeht. Das wird, glaube ich, echt schwer. Okay. Ist das prüfungsrelevant? Ja. Okay, also. Lilly macht noch einen Giftstich. Das sind 3 Damage. Plus noch 2 Damage von der letzten Runde. Das sind 5 Damage. Das sind 34 Lebenspunkte für den Kollegen. 34. Und Edna kriegt wieder einen Lebenspunkt dazu. Ist jetzt bei 12 Lebenspunkten. Weil Petra uns natürlich heilt pro Runde. Macht er trotzdem Mantel? Ne, Edna trägt den Mantel. Lilly hat keinen Mantel. Edna hat den an. So. Den 1 LP haben wir schon. Ähm. Die 2 Leben... Die 2 Giftpunkte haben wir auch schon abgezogen. Das haben wir gerade summiert. Mit 5. Mit 5 Damage. Ähm. Jetzt ist Edna wieder dran. Semmelt ihm wieder voll eine rein. Für 9 Punkte. Die kann er nicht blocken. Deswegen hat er jetzt nur noch 25, wenn ich das richtig sehe. So. 25, ne? Müsste richtig sein. Edna hat ihm eine reingesemmelt. So. Das heißt, ähm. Jetzt greift er wieder an. Er... Der Juppie greift jetzt aber kleine Mädchen an. Der Juppie verbrämt jetzt der Lilly eine. Die Lilly kriegt jetzt eine gesemmelt. So. Pass auf. Ähm... So. Oh. Okay. Die Lilly hat nicht so viel Panzer. Die hat ja kein Hemd an. Die Lilly kriegt jetzt mit W4, kriegt die die kompletten 8 Damage reingesemmelt. Geprügelt. Lilly hat ab sofort nur noch 6 Lebenspunkte. Lilly hat 6 Lebenspunkte. Die ist quasi schon am Abnippeln hier gerade fast. Ähm... Wird natürlich gleich wieder geheilt für einen. Ähm. Aber da kommen wir gleich zu. Lilly wollte blocken. Doch ihre Arme waren zu kurz. Oh. Was ist so schön. Also eigentlich schade, aber schön. Okay. Gut. Der Juppie hat seinen Angriff gemacht. Der hat auch diesmal gut ausgeteilt. Diesmal. Der hat jetzt leider... Leider hat er zweimal mit dem Intellekt angegriffen. Das ist nicht gut. Ähm... Und der Lilly hat da richtig eine reingewirkt. Richtig eine reingedrümelt sozusagen. Ähm... Jetzt ist Lilly aber dran. Lilly hat nur noch 3 Konzentrationen. Das heißt, sie kann keinen Giftstich mehr machen. Aber 4 Gift Damage kriegt der sowieso schon mal. Plus noch mal 4 Damage durch Angriff sind 8 Damage. Lilly ballert am Juppie 8 Damage rein. Das heißt, wir sind jetzt bei 17. Der hat nur noch 17 Hitpoints. Wenn ich das richtig gerechnet habe. Von 25 auf 17, ne? 25 auf 17, wenn ich das richtig sehe. Und Edna wird hochgehealt auf 13. Und Lilly auf 7. Das ist ganz gut. Das kann jetzt auch fürchterlich schief gehen. Es kann sein, dass er Lilly gleich bewusst losprügelt. Ne, der greift Edna an. Wir machen das, dass er Edna angreift. Dann, äh... Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Äh, pass auf. Edna ist dran. 9 Punkte reingesemmelt. Er hat jetzt noch 8 Hitpoints. Ja, 8 Hitpoints hat er noch. Wir gewinnen das. Und wie wir das gewinnen. Edna drömelt immer rein. 8 Hitpoints. Juppie ist dran. Juppie greift Edna an. Das war Kippel. Warte. Der, der würfelt nur 4. Er haut Edna eine rein. Für 8 Lebenspunkte. Edna hat daraufhin... Edna klappt einfach zusammen wie ein Stuhl. Hat nur noch 5 Lebenspunkte übrig. Und, ähm... Spuckt einfach Blut und Zähne. Und Lilly aber... Gut, dass wir nämlich vorher zweimal den Bienenstich gemacht haben. Lilly... 4 Damage... Plus zweimal Gift. Also plus zweimal 2 Gift. Macht insgesamt 8 Damage. Und der Juppie ist damit down. Edna 5 Punkte. Lilly 7 Punkte. Juppie ist down. Wir haben es geschafft. Kampf gewonnen. Jawohl. Oh, Juppie, was fallen gelassen. Zielkarte 15. Was? 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 Cool. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Nice. Haben wir geschafft. So. Und wir haben gefunden... Gegenstand immer 15. Und das ist... Warte, ich mach mal hier. Oh, das klappt. Wenn ich es anschräge, geht's. Die Bleed-Zeitung. Mit einer 50% Chance pausiert der Gegner. Ähnlichkeiten mit echten Zeitungen sind rein Zufall. Die Bleed-Zeitung vernebelt den Verstand. Mit einer 50% Chance pausiert der Gegner. Dafür... Könnte der Würfel, oder? Dafür nehmen wir dann diesen Würfel hier. Den normalen Würfel. 1, 2, 3 unter 50%. 4, 5, 6 über 50%. Aber die Bleed-Zeitung ist jetzt die Frage... 15. Wie setzt sich die denn ein? Ist das eine Technik? Nee, ist keine Technik. Kostet nämlich keine Konzentrationspunkte. Die ist einfach so mit dabei. Die ist einfach so mit dabei, nehme ich an. Styrio, weißt du das zufällig gerade? Ist die... Also die Bleed-Zeitung, ist die passiv? Also einfach ein passives Element, die immer gilt? Das muss Onkel Jo mir erklären. Ah! Ich dachte, Onkel Jo ist schon durch. Jetzt geht's wieder weiter mit Onkel Jo. Alles klar. Let's go. Warte, warte. Ich mach nochmal schnell hier so. Let's go. Items. Eine gelbe Karte. Die stehen für Items. Steht hier nicht drin. Items kannst du einfach nebenbei einsetzen. Du brauchst dafür keine Runde überspringen oder so. Manche sind sogar echt nützlich. Andere... Naja, aber probiere es am besten selbst aus. Und nicht vergessen, Items sind gelb. Ausrüstung ist grün. Nicht, dass du versuchst, eine Zeitschrift auszurichten. Aber das geht ja auch nicht. Gibt ja keine Sticker dafür. Da hat der Harvey natürlich recht. Das stimmt natürlich auch. Außerdem sieht es lächerlich aus, wenn man mit meiner Bildzeitung als Rüstung rumläuft. Ja, okay, gut. Weiter vorne. Die Techniken wären eigentlich danach gekommen. Ach so. Ja, gut. Aber ja, das war klar. Da ist ja natürlich... Das haben wir alles. Da ist ja dann... Ist ja gut. So. Ach, diese... Ach, meine Haare. Ach ja, ich habe jetzt so einen Conditioner. Ach, der macht aber auch... Gut, okay. Sehr gut. Wir haben eine Bliedzeitung. Da blieben meine Augen, wenn ich lese. Ich glaube, wir haben hier alles... Den Barkeeper haben wir noch nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Du bist wieder da. Naja, was soll's. Schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Richtig, Entschuldigung. Gegen diesen Jungen warst du der reinste Sonnenschein. Ach, Peter. Äh, hi. Es ist... Schön, dich zu sehen? Nein, das nun wirklich nicht. Ihr lange her. Oh. Um ehrlich zu sein, geht es mir wie deinen Haaren. Ich möchte dich verlassen. War deine Stirn schon immer so hoch? Aber hey, du lebst noch. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich. Ah. Trotzdem schön, dich wiederzusehen. Wieso trotzdem? Ätna, Ätna, Ätna. Du hast doch eben eine Technik gelernt. Komm, ich zeig dir, wie man sie einsetzt. Du meinst, wir sollten Peter... Hm. Ätnas Augen funkelten plötzlich auf und Peter schluckte schwer. Ätna gegen Peter. Ja. Was? Oh, der arme Peter. Ach so, ja, ich krieg noch ein XP. Hab ich... Ne, Bienenmann hab ich nicht... Ich hab... XP hab ich... Ein XP hab ich wieder gewonnen. Genau. Ein XP hab ich vergessen, mir aufzuschreiben. Stimmt. Ja, hast du recht. Dankeschön. Oh, der Peter. Der Peter war der Beste. Der Peter war einfach der Beste. Oh, ich hab so gelacht. Ich hab so gelacht. Alter, das war... Das war so mies einfach. Ich hoffe... Ich hoffe, in irgendeinem Spiel von Deadly werden wir Peter mal irgendwie wiedersehen und dürfen ihn wieder ein bisschen, äh, motivieren. So, der Peter. Karte 18. Ich versuche, die zu zeigen. Warte, warte. Ähm, so. Hä? Hm? 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 Jetzt hat's gerade ein paar Mal geklappt. Jetzt klappt's wieder nicht. Hm? 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 Hand daneben halten klappt nicht. Aber ich kann natürlich... Hm? 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 Haben wir schon alles probiert. Manchmal macht die Kamera, manchmal macht sie nicht. Hm? Oh. Oh. Ich lese mal ganz kurz seine Werte vor. Peter... Peter hat 19 Lebenspunkte. 19 Lebenspunkte. Den prügel mal so weg. Sein Angriff... Also sein physikalischer Angriff... ...sind zwei. Da wir eine Rüstung anhaben, eins. Also wenn wir ein Hemd anhaben, macht er ein Damage. Sein Intellekt greicht für fünf an. Und sein Special... Sein Special Zug ist... Sein Special Angriff ist Trübsalblasen. Macht nichts und verspielt den Zug. Peter ist depressiv. Deshalb ist Kämpfen nichts für ihn. Seine Geschwindigkeit ist eins. Er isst wie Bernd das Brot. Nur ohne Brot. Also noch nutzloser. Oh, das ist so schön. Bei Peter folgt ein Beispielkampf, den musst du nicht selbst angehen. Ach, ich muss gar nicht selber gegen Peter. Ich nicht mal das. Okay. Gut, Zielkarte 18. Das haben wir gemacht. Nun, wo du eine Technik ausführen kannst, schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispielkampf an. Peter hat eigentlich überhaupt keine Lust zu kämpfen. Dementsprechend gering ist seine Geschwindigkeit. Wir beginnen also den Kampf. In unserem Beispiel hat Edna die Technik ausgerüstet, welche sie auch sofort verwendet. Wie auf der Technik beschrieben, macht sie drei Schaden durch den Angriff. Plus zwei Giftschaden, jede Runde. Ausrüstungsgegenstände zählen hier nicht mit rein. Also ist egal, ob Edna Waffen oder Zusatz-Items führt. Diese beeinflussen den Schaden nicht. Peter verliert also drei Punkte. Plus vier weitere durch die Attacke von Lily. Edna dagegen verliert fünf Konzentrationspunkte. Nun ist Peter dran. Mit einer gewürfelten fünf bläst er nur Trübsal. Jetzt wirkt ein Gift und zieht ihm zwei Schadenspunkte ab. Um den Effekt noch zu steigern, setzen wir die Technik erneut ein. Peter verliert also wieder drei Punkte durch Edna und vier Punkte durch Lily. Er greift mit Kraft Lily an, welche den Angriff locker wegsteckt. Danach treffen ihn nun vier Punkte Giftschaden, welche ihn niederstrecken. Wie du gesehen hast, macht Gift einen schönen Zusatzschaden. Hätte jedoch Lily die Technik ausgerüstet, hätte Edna jede Runde mehr normalen Schaden ausrichten können, da ihre Kraft höher ist als Lillys. Du solltest also genau überlegen, ob du diese Technik Lily oder Edna geben möchtest. Ja, aber im Grunde genommen macht es ja nichts. Also wir haben den Kampf ja eh gewonnen. Den Peter, ganz ehrlich, den atmen wir einfach weg. Den atmen wir weg. Also wir können da jetzt kämpfen, aber ganz ehrlich, da haben wir halt den... Der ist halt, der ist ganz ehrlich, da fahre ich einmal drüber, dann ist der weg. So, das war Peter. Das haben wir schon gemacht gerade aus Versehen, weil ich glaube, wir hätten nach dem Bienenmann direkt hier oben zur Bar gehen sollen, deswegen kommt man vorher nicht reingehen. Und was macht Gronkh wieder? Der geht erst hier rein und dann geht er hier noch unten durch, quer durch die Räume. Das ist, ja. Ich entschuldige mich, ich habe das nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht. Wir können natürlich also Kampf gewonnen. Wir können natürlich jetzt noch, okay, pass auf, Peter hat 19 Punkte. Wir greifen beide zuerst an. Lily greift mit 9 an, dann hat er 10 Punkte. Ähm... Äh, Edna greift mit 9 an. Lily greift nochmal mit 4 an, dann hat er noch 6 Punkte. Wir gewinnen den Kampf so oder so. Egal, was wir machen, er kann nicht gewinnen. Also wir haben den Kampf gewonnen. Schließlich gelang Edna der Sieg über Peter. Es gab aber auch kaum Gegenwehr. Als der Verlierer sich erhob, unterjochte Edna Peter kurzerhand und machte ihn zum Mitglied ihrer Truppe. Oh, okay. Und wir haben noch einen XP bekommen. Äh, wir kriegen Nummer 19. Es ist Peter passiv. Auf dem Feld platziert, vermindert seine depressive Art gegnerische Schieden um 1. Okay. Passiv können wir nur 1 machen. Ähm... Komm schon, Peter, sei nützlich. Okay, pass auf. Das ist die... Huch, das ist die Peter-Karte. Ich hoffe... Ah, geht wieder nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt geht's. Es ist passiv, Peter. Passiv, Peter. Ja... Wieso geht's denn jetzt wieder nicht? Eben gerade ging es die... Jetzt. Peter passiv. Auf dem Feld platziert. Da ist er. Komm schon, Peter. Sei nützlich. So. Das Problem, was ich mit Peter habe. Ähm... Peter verringert gegnerische Schäden um 1. Das ist theoretisch toll. Wobei, der verringert alle gegnerischen Schäden um 1, ne? Aber wir haben... Was? Rechnerisch ist Peter besser als Petra. Peter verhindert Schaden schon, bevor er auftaucht. Sehe ich anders. Sehe ich anders, weil Petra die Möglichkeit hat, 2 LP gleichzeitig zu heilen. Wie du vorhin schon gesagt hast, Großkopf. Die Petra kann 2 LP gleichzeitig heilen. Er verhindert immer nur 1 Damage. Aber Petra kann quasi zu den Lebenspunkten immer noch 1 hinzufügen. Das kann uns manchmal... Das kann uns manchmal retten. Aber... Ich glaube, rein rechnerisch kriegen wir mehr Lebenspunkte raus, wenn wir Petra benutzen und ab und zu mal Lilly auf die Fresse kriegt. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube... Peter schicken wir erstmal hier drüben in den Kartenstapel. Ins Deck. So. Und Petra ist auch beim Aussetzen nützlich. Stimmt. Das stimmt. Die ist auch außen... Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Ja, Peter. Hin fort. So. Zielkarte 19. Wir machen weiter. Ach, der Kühlschrank ist wieder angegangen. Okay. Manchmal hört sich das komisch an. So. Warte, warte, warte. Ähm... Oh, ist aber schon ganz schön warm hier, das Ding. Okay. Prost nochmal. So. Okay. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Dann würde ich sagen... Hier unten haben wir wirklich alles gefunden. Da ist der Bienenmann nochmal. La, 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 la. Ich kann da nichts entdecken. So. Ich klicke nochmal auf Tische oder sonst irgendwas. Tische. Ähm... Wer ist da? Etwa dieser grausige Junge? Ah, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir hier zurückkommen. Hast du schon den Knochen angeklickt? Welchen Knochen? Den... Den... Den Knochen... Den hier oben, wenn du das mit Knochen meinst, da haben wir schon was rausgezogen. Wir haben eigentlich alles angeklickt, ne? Wir hatten schon alles. Okay. Ähm... Hier sonst in den Räumen selber ist nichts, ne? Das wäre natürlich gemein. Wenn hier was auf dem Teppich liegt oder unterm Teppich, das wäre gemein. Sowas macht der Stereo nicht. Gut. Wenn jetzt was gewesen wäre. Ähm... Gut. Ich glaube, wir haben... Wir haben alles. Dann... Die angelehnte Tür hier kann man nicht anklicken. Ne, das geht nicht. Die Teller hier haben wir schon. Den Tisch selber kann man nicht anklicken. Hier war auch nichts. Da ist nichts. Hier bei den Dingern. Das wäre gemein, wenn da was wäre. Da ist nichts. Und hier ist auch nichts. Ich kann da nichts entdecken. Und hier bei dem Schild ist überhaupt nichts. Beim Telefon im Münzschacht ist auch nichts. Okay. Stereo hat mal angeklickt. Handtrockner hat mal auch angeklickt. Wir hatten hier soweit alles. Außer die Barhocker hier. Hier. Ich kann da nichts entdecken. Da ist auch nichts. Ich glaube, wir sind hier durch. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ich kann da nichts entdecken. War das irgendwas, was wir sehen konnten, was ich gerade vergessen habe, was da mal war? Das weiß ich gar nicht. Okay. Ähm... Dann würde ich sagen, wir gehen weiter, ne? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ähm... Äh, wie komme ich... Wie... Ach, hier sind die Treppen. Alter, was... Wie, wie, wie... Das ist nicht viel, das Spiel. Das ist ganz schnell. Da ist man in Windeseide durch. Ach, du Heilige. Puh. Für dieses Spiel habe ich mehr als jemals sofort zeichnen müssen. Was ich aus meiner Sicht nicht unbedingt gut kann. Aber zum Glück ist Edna relativ einfach gehalten. Poki meinte ja selbst, er hat zu seiner Zeit nicht mal ein Lineal gehabt, als er es gezeichnet hat. Und deshalb konnte ich mich doch noch ein wenig daran versuchen. Der Aluman, dem du auf der letzten Ebene begegnet bist, war beispielsweise von mir gezeichnet. Und auch auf dieser Ebene hier gibt es einen neuen Insassen, welchen ich gezeichnet habe. Und... Ja, ich hoffe, er gefällt dir. Insgesamt haben es einige neue Leute in die Anstatt geschafft. Und ich glaube, ein paar davon berechtigt. Die haben es verdient, hier mal eine kurze Auszeit zu machen. Oh weia. Okay, okay. Dann bin ich gespannt. Jetzt würde ich aber wissen, jetzt würde ich schon gerne wissen, wer es ist. Ich gehe erst mal die Betten durch. Da ist nichts. So, warte. Da ist nichts. Bevor wir uns rumprügeln, weil ich glaube, die... Da ist nichts. Da ist nichts. Aber unterm Kissen. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Okay, warte. Das kann ich gut gebrauchen. Mhm. Geschenk Nummer 20 haben wir in einem Bett gefunden. Ähm, was versteckt sich denn in einer Irrenanstalt in einem Bettchen? Ähm, wo ist hier Nummer 20? 30, 13, 3, 5, da komme ich nicht hin, weil ich... Mit der Lehne meine Rippe malträtiere. 18, wo ist denn die 20? Hä? Die 20? Hallo, 20? Hä? 10, 3, 13, 22, 11. Da drunter ist nichts. Ähm. Äh, warte mal. Fahr die mal. Warte mal. Ähm, 14, 12. Ist es vielleicht diese Tasse, die hier aufgegangen ist? Nee, ne? Ich mach die mal wieder... Ich steck die mal wieder ein bisschen zu und tu die mal da hinten zu den anderen Bechern. Ich glaube, die ist es nicht. Ähm. Ich muss noch einige Mod-Tassen freischalten. 3, 5. 8, 10. Äh, 14. Hä? Hier ist gar keine 20. Oder bin ich blind? 22, 4, 11, 3, 5. Okay, ich nehme alles raus jetzt. Ähm. 13 und 5. Warte, warte, warte. 20 ist ziemlich flach. Okay, warte. 20 ist ziemlich flach. Dann müsste... Vielleicht versteckt sich das hier irgendwo. Hast du ein Buch geführt? Ich glaube, der Stereo hat Buch geführt. Ah, 20 liegt da drunter unter der 18. Das ist ziemlich flach und lag ganz am Boden irgendwo. 20 ist eine seltene Pokémon-Karte für 60.000 Dollar. Die hat das Stereo zufällig irgendwo... So. Falls es jemand mitgekriegt hat mit der Pokémon-Karte und der Post. So, warte, warte, warte. Hä? Äh. So, warte, 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 warte. Huch, was ist denn das? Was ist denn... Ich muss ganz kurz husten. Ähm. Ich glaube, das ist nicht für mich... Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Ich habe Bedenken, dass das vielleicht für mich ist. Ich weiß es nicht genau. Es ist... Happy Pan. Happy... Happy... Oh Gott, das Grün kriegt die Kamera, glaube ich, auch nicht geregelt, ne? Happy Pan. So. Ja... Happy Pan. Gnocchi-Gemüse-Pfanne für drei Portionen. Das sind niemals drei Portionen. Wenn auf so einer Packung steht drei Portionen, dann weißt du genau, es reicht gerade für dich. Grundsätzlich. Drei Portionen ist immer ne Lüge. So. Just Spices in Minutes. Zubereitung 25 Minuten. Oh Gott, ich hab so Hunger. Frisch dazu. 400 Gramm Gnocchi, eine kleine Zucchini. Achso, ich muss dann selber Sachen... Ach, ich muss selber noch Sachen einkaufen dafür. Das ist doch ein Quatsch. Ähm. Bio-Mischung zum Würzen von Gnocchi mit Gemüse. Mhm. Ja, dann... Leute wie ich machen das so, wie früher. Das ist der Beweis. Die Mochi sind deins, das ist Pans. Ja. Ja. Okay, wir machen das so. Ähm. Hier aufmachen und dann immer hier mit diesem Brausepulver. Also Finger anlecken, reindippen und immer so ablecken. So macht man das. So. Happy Pan. Gut. Dann müssen wir nochmal einkaufen fahren. Drei Kinder als Zutaten? Was? Was passiert denn gerade? Ach, für die Lasagne. Ja, eine ordentliche Lasagne gehören drei Kinder. Das ist richtig. So. Geschenk Nummer 20. Haben wir im Bett gefunden. Irgendjemand hat Essen in seinem Bett versteckt. Da ist nichts. Da ist aber nichts. Und hier ist eine Pflanze. Da ist nichts. Da ist leider auch nichts in der Pflanze. Hier? Da ist nichts. Nein, hier? Da ist nichts. Dieses Sample wird uns jetzt noch einige Zeit begleiten. Ich kann da nichts entdecken. Ah, wieso nicht? Warum ist da noch nichts drin? Okay. Hier gehe ich jetzt jeden einzelnen Stein nicht mal an. So werden also CDs gebrannt. Im Heizkessel. Was? CDs gebrannt im Heizkessel? Okay. Ähm. Dann, du hast Geschenk 12 gefunden. Das hier sieht nach CDs aus. Oh. Das sind wirklich CDs. Das sind wirklich CDs. Voll Dettelig. Mal ganz kurz gucken. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sekunde. Die Just Spices-Dinger sind prima lecker. Echt, ich kenne die gar nicht. Ich kenne die überhaupt nicht. So. Oh ja, wir haben Geschenk 12 gefunden. Ich hätte vielleicht wieder umschalten sollen, aber keiner sagt mehr wechseln. Außer sehr viele Leute, die ich gerade überlesen habe. Oh. Oh, schön. Okay. Goodbye, Deponia. Soundtrack. Ich halte es schräg. Die Kamera sagt nö. Kamera nö. Goodbye Deponia Soundtrack. Da spiegelt sich irgendwas. Achso, das Spiel spiegelt sich da gerade. Cool. Goodbye Deponia Soundtrack. Dann haben wir noch Deponia Original Soundtrack. Das andere wäre eine Raubkopie. Das ist ja gebrannt. Haben wir gerade gehört. So. Das hier ist aber der Original Soundtrack. Und natürlich noch Oh, voll geil. Edna bricht auf Theme. Ich will hier raus. Ednas Kindheit. Diese Edna ist ein zäher Brocken. Ich sperre sie einfach zu den anderen. Hoti und Moti. Der triumphale Erfolgsjingel. Die weißes Blatt Papier Methode. War dieser Song überhaupt im Spiel? Track 9 heißt War dieser Song überhaupt im Spiel? Track 10 kennen wir alle. Spiritueller Walzer. Den haben wir ja tausendmal schon hier in der Playlist gehabt irgendwo. 11 ist Devil's Tambourine Part 1. Das kennen wir auch. Wir kennen eigentlich fast alles. Part 13 heißt Feedback. Okay. Wahrscheinlich so eine Feedback-Schleife vom Mikrofon zur Box. Und Track 14. Edna bricht aus. Schön. Nadel und Faden waren nicht Edna bricht aus. Das war Harvys neue Augen. Nadel und Faden war Harvys neue Augen. Nicht verwechseln? Nicht verwechseln. Okay. Oh, hier wird es aber langsam knapp. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay. Das wird noch ein bisschen gehen hier heute. Ein Ofen. Da ist nichts. Natürlich. Müsste hier nicht irgendwie so ein explodiertes Kind drin sein? Ah, jetzt war ein anderes Spiel. Okay. Hier. Da ist nichts. Das ist ein Schrank. Da muss doch was drin sein. Da ist nichts. Ja, dann hier. Hey, was ist das denn? Karte 29. 26, 27, 28, 29. So, ich nehme die hier ganz vorsichtig aus dem... Oh ja, wechseln. Entschuldigung. So, ich habe jetzt hier drauf geklickt. Ihr seht das ja immer im Preview-Fenster. Hier, Karte 29. Habe ich jetzt mitgenommen. Oh. Oh, sehr schön. Wir haben noch einen Gegenstand gefunden hier. Komm, schreib wieder wechseln. Wechsel, wechsel, wechsel. Wechsel, wechsel, wechsel. Wechsel, wechsel, wechsel. So. Hallo, Gegenstand. Äh. Ich mache... So. So kriegt die Kamera den bestimmt. Es klappt super. Alles klar. Es ist ein Becher. Ein siffiger Becher. Auf den Gegner geworfen, lässt er diesen vor Ekel eine Runde aussetzen. Hui, so schön siffig. So, Karte 29. Äh, 29. Ding, 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 ding. Ich will mich nicht spoilern. Becher. Hui, so schön siffig. Der ist richtig siffig. Und hier war noch ganz kurz, das haben wir noch nicht gehört, Bienenmann L. Da ist er. L. Muss man den kennen? Ja, den muss man kennen. Ja, den muss man nicht kennen. Muss man schon. Muss man. Okay, wir haben jetzt zwei Objekte. Ähm. Ich muss gleich nochmal gucken, wenn wir zwei Objekte haben. Kann ich beide benutzen? Wie oft kann ich die benutzen? Pro Kampf einmal oder immer pro Runde? Ähm. Wechseln. 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 So, jetzt spielen wir weiter. Ähm. Was ist das hier? Da ist nichts. Hier ist noch. Da. Nicht. Okay. So. Okay, hier ist noch ein Stuhl. Nee. Hier. Da. Ich kann da nichts entdecken. Teppich. Wer bist du denn? Ich bin die Irre, die die Nacht durchplappert. Ich bin der Kaugummi, der unter Dr. Marcells Schuhsohle klebt. Ich bin Edna Konrad. Aber du kannst mich auch die Verteidigerin der Unterdrückten, die Räubertochter oder Harvey-Bändigerin nennen. Boah. Die, Edna? Ich hab schon so viel von dir gehört. Du bist eine Legende. Ist es wahr, dass du Dr. Marcells die Treppen runtergestoßen hast? Na ja. Ich will mich zwar nicht selbst loben, aber in dem Fall... Ja, hab ich. Wow. Es ist so cool, dich zu treffen. Du bist das Thema Nummer eins unter den Insassen. Das Mädchen, das erfolgreich geflohen ist. Dann musst du Harvey sein. Ja, genau. Und du bist? Ich? Ich bin Hugo. Hugo? Erzähl uns was von dir. Ja, genau. Was willst du denn wissen? Am besten erkläre ich es so. Ich bin Hugo. Alles klar? Hä? Ja, ich? Ich bin Hugo. Hey. Ah. Was? Ich bin nicht böse. Ich mach halt nur, was ich will. Ich bin nicht böse. Das ist einfach mein Stil. Ich bin nicht böse. Ich mach nur so gerne Quatsch. Ich bin nicht böse. Wer für andere mal in den Matsch. Ah. Yeah. Hugo. Ich bin nicht böse. Ich sage, was ich will. Ich bin nicht böse. Ich war noch niemals still. Ich bin nicht böse. Ich hab nur so meinen Spaß. Ich nenn es Freiheit. Warum werd ich dafür bestraft? Warum werd ich dafür bestraft? Bitte versteht mein Verhalten Als Zeichen der Ablehnung Mit der ich euch entgegenüber steh'n. Was? Bitte versteht mein Verhalten Als Zeichen der Ablehnung Mit der ich euch entgegenüber steh'n. Ich bin nicht seltsam, auch wenn ihr gerne so tut. Ich bin nicht aggro, mich kontrolliert nicht meine Wut. Ich bin nicht dumm, wenn ihr mich halt nicht versteht. Ich bin nicht eitel, weil die Welt sich um mich dreht. Oh, bitte versteht mein Verhalten Als Zeichen der Ablehnung Mit der ich euch entgegenüber steh'n. Bitte versteht mein Verhalten Bitte versteht mein Verhalten Als Zeichen der Ablehnung Mit der ich euch entgegenüber steh'n. Und bitte versteht mein Verhalten Als Zeichen der Ablehnung Wie gut ist dir das alles Mit der ich euch entgegenüber steh'n. Stopp! Das reicht. Dieses Gesinge. Vielleicht gehören die ja alle hierher. Du Edna, du musst mir helfen. Ich bin nur hier, weil Dr. Marcel mich aus dem Internat für schwer erziehbare geholt hat. Und die Zeit dort war so schön. Hier ein Feuerchen gelegt, da Sekundenkleber auf die Zahnbürste geschmiert. Dem Direktor Haarentferner in die blöde Bommelmütze geschüttet. Dir ist doch schon einmal die Flucht gelungen. Bitte hilf mir hier raus. Ich fühl mich irgendwie wie ein Fisch im Aquarium. Warum bist du eigentlich hier? Ich bin hier, um dich zu retten. Und den Hasen. Wir haben gesehen, wie Hulgur dich in das Auto steckte. Das muss vorhin gewesen sein, als ich mir in der Stadt ein Spielzeug aussuchen sollte. Aber warum? Ich weiß es nicht. Aber kurz danach hat er ihn mir gleich wieder abgenommen. Ich verstehe das alles nicht. Aber wir werden dir helfen. Niemand sollte hier gefangen sein. Vielen Dank, Edna. Ach ja, so ein Typ namens Stiesel hat den Schlüssel zu meiner Tür. Mein alter Freund Stiesel also. Warte hier. Ich bin bald wieder da. Was ist denn diese... Stereo, was hast du getan? Was ist das alles hier? Was ist denn das? Ja, ich hab's vorhin gelesen und ich hab mir das auch gedacht. Ich will langsam ein Soundtrack von diesem Game haben. Das Poki-Lied vorhin. Das Ding hier gerade. Was passiert denn hier gerade? Was ist das hier alles? So, weißt du? Und ich dachte, naja, diesmal ist was Kleines, sagt er. Diesmal ist was Kleines. So, hm. Winzig ist das. Das ist winzig. Alter, wie gut ist das denn? Ziehe Karte 28. Ich mach das Lied gleich nochmal. Nein, mach ich nicht. Aber ich will mir die Lieder eigentlich rausziehen. Das von Poki würde ich mir auch sehr gerne rausziehen. So, wenn das irgendwie geht. Dann werde ich richtig Copyright infringen. So. Das ist also Hugo. Okay, ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe. Bitte sagen wir das. Bitte mach es. Ja, sehr gut. Hier ist er. Schon früh in Besserungsanstalten gesteckt sucht er einen Weg zurück zu seiner Familie. Er erinnert mich an mich. Nur empfiehlt die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung, wie du sie hast, Edna. Deine Selbstbeherrschung ist wirklich legendär. So. Dann würde ich sagen, ich lese mal kurz Karte 28. Hab ich dich. Stehen bleiben. Oh Schreck. Hulgor. Havitzi die Löffel ein. Wir verschwinden. Versuch's gar nicht erst. Schneller als er aussieht. Lass uns durch. Ich warne dich. Sonst. Was sonst? Edna gegen Hulgor. Oh. Ich wollte gerade eben, gerade eben wollte ich die Karte vorlesen lassen. Das muss leider ein bisschen warten. Ich lege Hugo beiseite. Hugo und Edna. Passt eigentlich auch gut zusammen. Ähm. Nimm, 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 nimm. Ziehe Karte 25. Jetzt ziehen wir Karte 25. Oh nein, gleich muss ich wieder rechnen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das um diese Zeit und das in meinem Alter und das noch mit meinem mathematischen Grundwissen. So, Hulgur hat 70 Lebenspunkte. 70. Er macht, warte mal, mit seiner Kraft macht er 10 Damage. Okay, ja, Hulgur stark. Mit seinem Intellekt macht er 5 Damage. Hulgur, 5 Damage? Wo nimmt der den Intellekt her? Der hat doch den Aluhut auf, vom Alu-Mann. Und sein Special Move ist, Rundumschlag trifft alle Gegner für 5 Damage. Also, alle Gegner. Uns alle, verprügelt der. Dr. Marcel Slakai ist die Stärkste der Wachen, aber nicht besonders helle. Ich hoffe, ich kann die Karte zeigen. Mal ganz kurz, so. Ja, das klappt wieder. Kamera ist wieder, wenn ich mich jetzt selber in die Mitte bewege. Nee, ne, hat damit nichts zu tun. Hm. Hallo. Hm. Nee. Ach, dieser Autofokus von der Kamera ist eher suboptimal. Er sieht so aus. Warte. Warte, warte, warte. Er sieht so aus. Hi. Okay. So, schnell. Ich wollte jetzt hier keine traumatischen Ereignisse wachrufen. So, schnell wieder auf die Preview schalten. Da sind wir schon wieder. Und dann schalte ich mal wieder rüber. Okay. Hulgor. Hulgor ist sehr langsam. Wir haben die Eröffnungsmoves, aber Hulgor hat 70 Lebenspunkte. Und ich weiß nicht genau, ob wir den schaffen. Ähm. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, wie wir das machen mit den Items. Das muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Wir haben ja die It... Nee, die Items... Oh, die Items standen hier nicht drin, ne? Die waren... Oder die waren weiter vorne, hieß es? Nee. Doch, ja. Nee, keine Items. Wie können wir die Items nochmal benutzen? Da muss ich gleich nochmal den Stereo nachfragen. Ähm. Weil wir haben die bis jetzt noch gar nicht im Einsatz gehabt. Steht das hier noch irgendwo? Nee, ne? Er greift mit Lili an. Nee, das ist nur... Das ist nur der Bienenmann, wenn er angreift. Okay. Peter ist dran und bläst Trübsal. Okay. Ähm. Die Items kann ich... Ich hab jetzt die Bleed-Zeitung, ne? Mit einer 50%-Chance pausiert der Gegner. Äh. Alle einmal pro Kampf. Okay. Einmal... Wir können alle einmal pro Kampf machen. Ähm. Das ist okay. Und die kosten keine Runde. Die kosten keine Runde. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen... Ähm. Wir haben... Edna mit 9 Schaden. Die ballert ihm erstmal eine rein. Ich muss noch eine Seite anfangen. Hier sind unsere bisherigen Kämpfe. Sehen übrigens mathematisch sehr schön gelöst aus. So mach ich das hier immer. So. Das funktioniert gut. Ähm. Das heißt... So viel du willst, kannst du einmal pro Kampf einsetzen. Das überspringt nicht deinen Angriff. Das wollte ich hören. Eigentlich wollte ich hören, die können wir immer pro Kampf jede Runde einsetzen. Aber leider... Na gut. Ähm. Oh ja, wir können wieder leveln. Edna. 1, 2, 3. Ich sollte Edna noch einmal leveln, dass sie 10 Damage macht. Edna macht 10 Damage. Okay, wir haben gelevelt. Wir können leveln, ne? Wir haben drei Striche. Ja, wir können leveln. Sehr gut. So, Edna macht jetzt noch einmal... Edna macht 10 Damage. Ich hab Edna noch einmal gelevelt. Ähm. Danach wär's super, wenn ich Lily noch zweimal leveln könnte, weil dann kann ich noch einmal weiteren Giftstich ansetzen. Das heißt, wir machen 6 Schaden pro Runde, wenn wir das hinkriegen, wenn wir nicht vorher schon weggeklatscht werden. So. Okay. Dann mach ich jetzt Edna. Edna ballert für 10. Ich kann ja die Items... Die Items kann ich auch gleich ansetzen. Okay, Edna ballert erstmal für 10 weg. Hulgur schreib ich erstmal auf. Hulgur. Hulgur hat nur noch 60 Lebenspunkte. Nur noch. Der hat, äh... Puh. Ähm. Dann ist, äh... Dann ist Lily dran. Lily macht natürlich erstmal einen Giftstich, weil wir müssen, wir müssen so viel passiven Schaden wie möglich da reinkriegen. Äh, Lily macht einen Giftstich. Das sind 3 Damage. Erstmal nur. Hulgur hat jetzt also 57 Lebenspunkte. 57. So. Ähm. Ähm, okay. Daraufhin. Da fällt mir gerade ein. Ach nee. Eine Technik kann nur einen Charakter ausgerüstet haben. Lily hat aktuell den Giftstich ausgerüstet, weil die hat ja 13 Konzentrationen. Edna hat momentan keine Technik, weil wir sonst keine gefunden haben. Wir haben nur eine grüne Karte bis jetzt. Also, es ist nicht so, dass jeder den Giftstich anwenden kann. Den kann nur Lily anwenden. Okay. Ähm. Das haben wir. Gut. Hulgur 57. Leider greift Hulgur auch an. Wir machen aber folgendes. Wir benutzen jetzt die Bleed-Zeitung mit einer Chance von 50%. Also, 1, 2, 3. Nicht effektiv. 4, 5, 6. Effektiv. Wir haben eine 5. Ihr seht es gerade nicht. Ihr müsst mir vertrauen. Wir haben wirklich eine 5. Wir haben eine 5. Ich wünsche, ich könnte die Kamera darauf zeigen. Aber hier liegt die 5. Da ist sie. Ich behumse nicht. Es ist wirklich eine 5. Ich zeige diese 5 mal in die Kamera. Und dadurch wirkt es viel authentischer. Wenn ich die jetzt hier zeige. So. Aber es ist die 5. Gut. Sonst hätte ich hier mich gerade erst mal zurechtdrehen müssen. So. Gut. Die 5. Die Bleed-Zeitung ist benutzt. Ich drehe die. Ich drehe die nicht um. Ich habe die ja schon benutzt. Ihr werdet mir schon sagen. Der Würfel hat keine 1. Der Würfel hat keine 1. Ach so. Klar. Du meinst den anderen Würfel. Wir haben zwei verschiedene Würfel. So. Die Bleed-Zeitung hat funktioniert. Hulgur. Pausiert. Hulgur greift nicht an. Das heißt. Jetzt ist Edna wieder dran. Oh. Sehr gut. Edna ist wieder dran. Ballert ihm für 10 eine rein. Daraufhin hat er 47. So. 47. Das war eine 3 mit 2 Punkten zu viel. Ach so. Und jetzt macht Lilly nochmal Giftstich. Fügt ihm 3 Damage zu. Plus 2 Giftstich von der letzten Runde. Das sind 5 Damage. Daraufhin hat Hulgur nur noch 42. Und Lilly hat keine Konzentrationspunkte mehr. Nur noch 3. Okay. Sehr gut. Jetzt ist Hulgur dran. Aber wir haben noch einen siffigen Becher. Auf den Gegner geworfen lässt er diesen vor Ekel eine Runde aussetzen. Hulgur setzt nochmal aus. So. Hulgur setzt aus. Edna greift an. Das läuft ja wie am Schnürchen. Das läuft super. Das heißt, Hulgur hat nur noch 32 Lebenspunkte. Aber leider macht Hulgur halt exorbitant viel Damage. Und wir sind nicht so kräftig auf der Brust. Das heißt, es kann immer noch in die Hose gehen. Und ich hoffe, es ist nicht meine. 32 Punkte für den armen, schwachen Hulgur. So. Jetzt kommt Lilly. Greift für 4 an. Und macht noch 4 Giftschaden aus den letzten Runden. Passivschaden. Sind 8 Schaden. Sind 24 Punkte für Hulgur. Hulgur hat nur noch 24 Lebenspunkte. Problem ist, Hulgur ist echt sauer. Der ist richtig sauer. Und jetzt kann er angreifen. So. Er greift mit einer 3 an. Und er greift Edna an. Für 10 Lebenspunkte. Aber er hat schon verloren, glaube ich. Edna hat nur noch 10 Lebenspunkte. Aber sie wird noch einen Schlag einsacken. Weil Petra gleich heilen wird. Und dadurch haben wir schon gewonnen eigentlich. So. Edna ist dran. Zieht ihm 10 Punkte ab. Er hat nur noch 14. Jetzt kommt Lilly. Zieht ihm 8 Punkte ab. Wieder. Dadurch hat er jetzt nur noch 6 Lebenspunkte. Edna kriegt wieder 11. Weil Petra heilt. Edna ist dran. 10 Damage-Punkte. Hulgur ist weg. Ach ja. Und Edna hatte noch einen Mantel an. Stimmt. Edna hatte noch einen Mantel an. Stimmt. Das heißt, sie hat eigentlich 12 Punkte. Jetzt spielt aber keine Rolle. Hulgur ist weg. Weil Edna jetzt für 10 reinsemmelt. Und wir haben Hulgur besiegt. Kampf gewonnen. Jawohl. Ziehe Karte 26 und nimm ein Paket 10. Schön. Wir haben noch keinen Kampf verloren. Nice. Ich freu mich. So. Karte 26. Ähm. Blablabla. Oh. Karte 26 hat einen Umschlag dabei. Karte 26. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Oh. Okay. Also. Wir kriegen als Gegenstand eine neue Waffe. Wie man sieht. Ja. Sieht jeder. Okay. Kampf verloren. Schick alles wieder zurück. Darfst nix behalten. Ja. Wahrscheinlich. Okay. Ähm. Pass auf. Wir haben. Man sieht es jetzt nicht so gut. Weil die Kamera wieder sehr gut. Diese Kamera ist fantastisch. Also. Pass auf. Wir haben einen Hammer. Als Waffe. Ein Poloschläger für Zwerge. Erhöht den Schaden der Angriffe um zwei. Das heißt. Lilly kriegt Harvey. Und Edna kriegt einen Hammer. So machen wir es. Und ich glaube hier in diesem Umschlag sind natürlich die Hammersticker drin. So. Warte. 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 Ähm. Jetzt muss ich leider wieder kleben. So. Jetzt muss ich. Gott. In was sitze ich hier immer noch? Okay. Edna kriegt jetzt den Hammer. Das muss ich draufkleben. So. Hier. 3 XP zum Leveln. Habe ich schon eingesetzt. Aber wir haben jetzt wieder einen neuen XP. Den muss ich mir gleich aufschreiben noch. Die XP muss ich mir gleich aufschreiben. Ähm. So. Edna kriegt einen Hammer. So. Der wird einfach drüber geklebt. Clever. Und. Edna. Äh. Lilly kriegt jetzt den Harvey. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Die Hammers. Wo habe ich die? Da sind die. Die Hammers tue ich hier oben rein. Zu den anderen Dingern. Und Lilly kriegt jetzt einen Harvey. Ich muss hier ganz kurz. Ne. Ich muss ganz kurz umkleben auf meinen Charakterbögen hier. Ja. Die Kamera ist heute. Ach. Das ist der, den ich schon mal verklebt habe. Hier kommt nichts weg. Den. Nutzen wir jetzt. So. Den kriegt Lilly. Lilly. Die. 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 Sieht's ja auch weniger genome. So. Okay. Zierkarte 26. Nimm Paket 10. Wir brauchen noch Paket 10. Das ist das hier von Stereo. Ähm. Ist das ernsthaft ein Hammer? Ist das ernsthaft ein Hammer? Also spüre ich das hier gerade richtig? Ist das ein Hammer? Das ist das ernsthaft ein Hammer. Oh. 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 Aber was für ein Hammer. Es ist eigentlich der Streaming Hammer. Den muss ich eigentlich während der, das ganze Projekt ist ein Hammer. Ja. Das ist richtig. Ich muss diesen Hammer bei jedem Stream immer hier nebenlegen und immer wenn jemand Scheiße baut, dann gibt's den Bannhammer. Bam. Da steht, da steht Bann drauf. Nicht Bäm. Da steht Bann drauf. Das ist der Bannhammer. Also immer wenn jemand hier Scheiße baut, gibt's auch den Kopf, Junge. Und der ist, der ist schon, der bringt ein bisschen Eigengewicht schon mit. Das ist schon cool. Der Werox schreibt, der beste Hammer ist in meiner Hose. Ja, aber wir reden hier nicht von Modellbau. Hier geht's natürlich, ne? Hier. Um Öltanker. Verstehst du? So. Bannhammer. Nice. Schön. Gut. Der Bannhammer, den muss ich mal ganz kurz, äh, da muss ich mal, wo tu ich den immer hin? Ähm, ja, langsam wird's hier ein bisschen knapp mit dem Platz. Äh, der Bannhammer. Schön. Oh Gott, ich muss den eigentlich am Rechner lassen irgendwo. Aber hier ist grad echt exorbitant wenig Platz. Bist du nun Richter? Ja, ich bin jetzt, äh, Barbara Salisch. Mit den Haaren vor allen Dingen. Ähm, ich bin jetzt nicht gewesen, Frau Salisch. Ich tu das mal hier auf die Verpackung. Bitte, Hammer, bleib liegen. So. Okay. Gut. Heilige. Hatte Thor wirklich violette Haare? Ja, nach, er hat sich die aber dann färben lassen auch. Oh, Eier. Oh, ist das warm, ey. Puh, ich trink mal eben einen Schluck Wasser. Mhm. Mhm. Ah, schön. Hast du Karte 25 gezogen vor dem Kampf? Ja, ja, Karte 25 war er hier. Ach, jetzt macht er scharf. Ja, das war Karte 25. Das war er, die wir grad bekämpft haben. Das ist, das sind immer die Gegnerkarten. Also das war ne Gegnerkarte. Okay. Wir haben, die Zeitung und so haben wir auch wieder. Ich leg mir mal ganz kurz die Items, ich muss die mal woanders hinlegen. Ich leg das trotzdem wieder hier hin. So, das haben wir gemacht. Wir spielen weiter. Ähm, der Hammer kommt dann hier drüben hin. Und Karte 26. Wir machen jetzt ja noch einen Schaden mehr. Edna macht jetzt elf Schaden, ne? So. Hab ich mir nochmal eingetragen. Plus den XP müssen wir nochmal aufschreiben. Äh, ich schreib mir den mal ganz kurz hier drüben hin. XP. So, Hulgur haben wir gut bearbeitet. Ähm, bin ich sehr happy, dass... Wir haben gesiegt? Oh. Wir haben gesiegt? Hahaha. Wart's ab, Dr. Marcel. In Kürze bist du auch dran. Auch wenn Edna nicht erwartet hatte, ihn zu überwältigen, da lag er nun vor ihr. Sie durchsuchte seinen reglosen Körper, wobei sie seinen Holzhammer an sich nahm. Doch da hörte sie etwas. Äh, Hilfe, hol mich ja raus. Wer war das? Was? Hier, in der Tasche. Edna wühlte etwas tiefer und zog die Hälsinn aus seiner Gesäßtasche. Wirklich raus da? Uh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es da gemieft hat. Edna, du hast sie gefunden? Oh, Junge, schön, dich zu sehen. Ich bin Edna und das ist Harvey. Äh, 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 umgekehrt. Bist du etwa nervös, Harvey? Psst, sag doch sowas nicht. Ich bin Merle. Ihr habt mich gesucht? Ja, wir wollten dich hier rausholen. Weg von diesem ollen Doktor. Ganz genau. Der schien mir ganz in Ordnung zu sein. Er wachsen halt. Nicht so kindisch und abgedreht. Äh, 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 aber... Stehst du etwa nicht auf Albernheiten? Vielleicht war ich einfach zu viele Jahre in einem Spielwarenladen ausgestellt. Die waren da alle nur auf Spaß aus. Irgendwann wird es einem da zu viel. Aber ich dachte, wir könnten zusammen Blitze jagen und auf Nilpferden reiten und in einem Lebkuchenhaus wohnen, das wir selbst auffuttern. Ähm, danke, aber nein, danke. Man trifft so selten auf andere Hasen, versuchte Harvey sich herauszureden. Nun lass mal nicht die Löffel hängen. Nur weil ich keinen Quatsch mit dir machen will, heißt das nicht, dass ich keine Zeit mit dir verbringe. Wir können ja mal zusammen in ein Museum gehen oder so. Bäh. Außerdem kenne ich euch kaum. Stimmt, aber wir sind die Guten. Dr. Marcel ist nicht der gute Kerl, für den er sich ausgibt, aber das wirst du sicher bald merken. Doch jetzt ist nicht die Zeit, sich kennenzulernen. Wir müssen Hugo retten. Hilfst du uns? Klar, wenn ich kann. Karte 27. Wir haben aber noch Karte 20. Ich hab irgendwo noch Karten vergessen. Also irgendwo muss ich noch, ich bin hier meiner Zeit voraus, glaub ich grad ein bisschen. Kann das sein? Stereo, nur mal so als Hinweis bin ich grad. Weil ich hab Karte 20 und so hab ich alles noch liegen. Und jetzt muss ja mal Karte 27. Merdes Name setzte sich bei einer Umfrage knapp gegen Hayley und Harley durch. Oh, Harley wär auch gut gewesen. Oh, Harley. Wegen Harley Quinn vielleicht auch ein bisschen. Aber sie ist ja seriös. Mhm. Harvey ist nicht so verkrampft. Okay, pass auf. Ich mach mal ja hier. So. So, da. Merdes Name setzt sich bei einer Umfrage. Wo fand denn diese Umfrage statt? Knapp gegen Hayley und Harley durch. So, okay. Das Abenteuer gibt's leider nicht zu kaufen. Das ist leider ein Unikat. Tatsächlich, das gibt's nur hier und nur heute. Ach, schön. Okay, wir haben eine Begleitung. Allerdings greift sie nicht an, weil ihr macht das keinen Spaß. Sie möchte lieber Museen betrachten oder vielleicht Tapeten, Raufasertapeten abzählen oder ich weiß nicht, was da ist nicht. Da ist, äh, ja. So. Ich muss meine Nase jüngen. So, gut. Die Karte haben wir. Zielkarte 27. Okay. Ich habe eine Treppe übersehen. Halt, dann geh ich nochmal ganz kurz, äh, hier. Hier. Hier kann ich ja nicht. Ich möchte nicht in den Keller. Sie möchte nicht in den Keller. Eine Treppe über... Okay. Schere. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. Adrians Zeltschlüssel plus Geschenk 5. Was mache ich, wenn am Ende noch Geschenke übrig sind? Die darf ich niemals aufpassen. Aufpassen, aufmachen. So. Okay. Äh, 5 von Tagtraumelfe. Tag, Traumelfe. Lalalalalala 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 Lalalalalalalala Also Hier So Äh Ich Was Ich Liebe Tag-Traum-Elfe Dankeschön Glaube ich Nein, Dankeschön, aber Hä? Was ist denn? Ähm, guck mal, die ist so, was ist das für eine Schere? Ich kenn sowas nicht, warte mal, ich mach mal groß gerade Eine Bastelschere, ich kenn mich da halt nicht Ich kenn mich da halt nicht aus, guck mal, die hat so Hier Das würde ich bei Saw erwarten Wenn der Typ nicht mitspielt Eine Zickzackschere Oh Hä? Ich kenn sowas nicht, das ist für mich Zauberei Ja gut, das zeigt er sich Das ist Zauberei Die macht ja wirklich Zickzack Cool Ich kenn sowas echt nicht Nein, ich hab ein Bastel und nicht so viel am Hut Ähm, ich kann Excel Ach schön Rik, ach Barbara, du bist ja da Du hast gesprochen, ne? Warst nämlich du, die die Merle vertont hat Ne? Haben die recht, ne? Haben sie recht, ne? Haben sie recht, ne? So, deswegen fragst du gerade, ne? Gibt's zu, ne? So Ja, das kommt natürlich auf YouTube Ähm, das wird natürlich heute noch nach dem Stream direkt gerendert Und dann kommt das die nächsten Tage, je nachdem Wie lange der Upload dauert Ballern wir es direkt auf dem GrogTV-Channel raus Ist ja klar Oh, voll schön Ich Wer, wer da alles Ich hoffe, es gibt am Ende noch Credits Damit ich da einfach sitze, so Pff Puh Okay Geschenk 5 Und Adrians Zeltschlüssel haben wir gefunden Und hier noch einen Kaffee Das kann ich gut gebrauchen Oh, das geht ja hier Schlag auf Schlag Warte Geschenk 3 Und wir müssen gleich noch mehr auf den Stereo tippen Geschenk 3 Von Stereo und das Gestrüpp Das ist, äh Hui So Okay, warte, warte Ernsthaft Die Credits dauern ewig Oh Gott Äh Oh Gott, jetzt hab ich Angst Ähm Ich möchte dieses Geschenk nicht zeigen Ich Möchte Was Was soll ich denn damit Was soll ich denn damit Was Warum Was soll ich Ganz ehrlich Das ist doch gar kein Kaffee Das ist Kaffee Haag, Mann Den trinkt doch keiner Das ist entkoffeinierter Pulverkaffee Ich glaube, ich kann Pulverkaffee gerade gar nicht mal zubereiten Das ist, äh Ja Gut Aber für Kaffee Haag Da lohnt sich ja Ich wollte mir eh wieder eine Maschine für hier unten anschaffen Wieder Ich wollte mir mal eine Maschine für hier unten anschaffen Alter Kaffee Haag Ernsthaft Das ist ja gar kein Kaffee Mh Oh, jetzt hab ich gesammert, glaub ich, mit der Nase So, hier ist noch Da ist noch Das ist voll süß Guck mal hier Ja, Kamera, danke Du pußt mir heute echt Die Kamera ist heute mega Das ist eigentlich was voll süßes Und dann steht das so hier drin So, warte, warte Okay, warte Warte, warte Äh Schenke ich Tati Kann die abends immer naschen Ist ja eh kein Koffein drin Ähm Ich Wo soll ich den Kaffee Haag jetzt hinstellen? Äh Ich hab keinen Platz mehr zum Hinstellen Ich stell's mal auf die Playstation Was soll schon passieren? So, okay Einfach die Molero-Maschine kippen Ähm Hier drin Wie geht denn das hier auf? Ist das so ganz klein? Brauch ich dafür die Schere nähen, ne? Das ist so winzig Wie, wie, wie Hä? Ich muss das hier, glaub ich Ich muss das, glaub ich Hier Warte Aha So Mein Vater trinkt Kaffee Haag, weil er keinen Koffein darf Boah, dein armer Vater Dein armer Vater So Okay Aber ganz ehrlich, Endkoffiniter Kaffee ist nicht das Schlimmste So langs nicht Kaffee Haag ist Ach wie süß Oh wie süß Ich kenn die Dinger nur von Twitter Guck mal Das ist ganz klein Ich kann das gar nicht Ich glaub die Kamera zoomt das gar nicht ran Weil das wirklich so Ich hab leider kein Stück Papier Was ich dahinter Klappt echt gut Kamera On point Oh ganz ehrlich Diese Kamera, ne? Ich muss Ich muss wirklich mal eine andere probieren Irgendwie Die ist eigentlich gut Ich probier nochmal Warte Ganz kurz Vorsicht Schwitzender alter Mann Oh das ist die Das ist der Finger mit dem Fingernagel So hier Oh ich hab ein Krümel in der Hand Was natürlich hier am Spiel liegt Riecht die da raus? Ne gerade nicht Duplo So Ich steh wieder raus So Dann haben wir das Oh ist voll süß Das tu ich mir wieder hier rein Ähm Das muss ich Das ist so klein Ich will nicht dass das verloren geht Deswegen muss ich das irgendwo hin tun Ich tu das erstmal zu der Diskettenlampe Weil ich will nicht dass das hier irgendwie verloren geht Und dann mach ich mir den Krümel aus der Hand So Hallo So Jetzt ist der Krümel weg So Und guck mal hier ist mir Beim Zusammenschrauben Sieht man das? Dieser kleine schwarze Oh dieser Fingernagel hier Dieser Oh das ist der Mittelfinger Ähm Äh 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 Dieser kleine schwarze Punkt hier ist kein Muttermal Das ist eine kleine Blutung Da ist mir nämlich Von der Seite ja immer die Kamera Auf den Protagonisten gerichtet war Von daher haben wir versucht das Beste daraus zu machen Ähm Insgesamt hat es zweieinhalb Monate gedauert Und damit mit die meiste Zeit veranschlagen Ne ne komm das wollen wir gar nicht hören Weißt du Stereo das wollen wir Jammern kann man immer Ne also hier das ist mir zu viel gejammer Das das spiel ich nicht ab Für Leute die neu sind das haben wir vorhin schon gehört Und deswegen Deswegen hab ich's grad übersprungen Das ist die gleiche Info wie beim vorherigen Bild Hier Gibt's da noch was? Nein Hey Was ist das denn? Hat man das schon? Karte Ne Ach das ist jetzt Karte 20 Das ist aber gemein Das ist das kleine Objekt Das andere Objekt Dann Okay Das ist jetzt Karte 20 Uuuuh Okay Also Wir haben gefunden Ein Feuerzeug Ein Feuer Es ist ein Feuerzeug Zusatz Schon der Gedanke an den brennenden Mond Weckt den Kampfgeist Plus zwei Schaden Lass uns den Mond anzünden So langsam wird Zeit Wir haben ein Feuerzeug Und damit Legt Lilly Erstmal Harvey Aus der Hand So Und wir Rüsten eine neue Waffe aus Lilly zündet ab sofort Alles an Natürlich Nur aus Versehen Denn eigentlich will sie niemandem Schaden zufügen Aber leider Verbrennen auf dem Weg Einige Menschen Aber es sind Keine Sorge Es sind immer Tragische Unfälle Die da passieren BZW Hast du mal bei Bremen 4 moderiert? Nein Ach Feuerzeug ist Zusatz Also da wo Rollstuhl oder Pillen sind Oh Okay Ähm Meine Nase juckt Feuerzeug plus zwei Schaden Könnte Edna gut gebrauchen Die würde 13 Schaden machen Aber sie braucht den ersten Angriff Glaube ich Äh Ich glaube ich würde den Rollstuhl behalten Weil Lilly hat halt nur Ähm Edna hat nur vier Aktionspunkte Aktionspunkte? Ähm Das heißt sie ist oft im Nachteil Bei Kämpfen Und die zwei Die zwei Zusatzschaden Wiegen das nicht auf Okay gut Ich lege das Feuerzeug erstmal beiseite Obwohl ich das echt gerne nutzen würde Ich würde es am liebsten Lilly geben Weil die hat Edna Äh die hat Harvey dabei Aber Lilly braucht momentan noch die Pillen Damit die richtig abgeht im Kampf Okay Gut Ähm Geschenk vier Rate mal was Rate mal was das wohl sein wird Heieieiei Was das wohl sein wird Wir werden es erfahren Ähm Äh Äh Hä Äh Äh So Warte 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 Man Versus Tetherfilm The Movie Ähm Ja da ist ein Auto drin Wahrscheinlich Golder BMW Entschuldigung Ähm Äh Sag mal Sag mal Was hast du da gemacht Stereo Das ist doch Panzerband Das ist doch Panzerband Das ist doch kein Geschenkpapier Das ist irgendwie so eine komische Folie Die unkaputtbar ist Aus der sind glaube ich Fallschirme gemacht Nutz doch die Schere So Aha Was ist denn dies So Vorsicht Ja Vorsicht Es ist ein Feuerzeug Das nicht geht Okay warte I'm the I'm the Firestarter Mystic Firestarter Äh Ist kein Benzin drin Achso Ja gut Dann müssen wir nachfüllen Kein Benzin drin Aber ich find's so eigentlich ganz gut Ein Star Es ist ein Sippo Star Wo wird denn das hier nachgefüllt Eigentlich doch immer unten Aber das ist hier gar nicht Ich seh Ich seh hier nicht Wo man das einfüllen kann Was ist da los In solchen Feuerzeugen Ist nie Benzin drin Weil es zu schnell verdammt Äh Verdammt Verdammt Weil es zu schnell verdammt Das wird innen nachgefüllt Schalter umlegen Und rausziehen Den oberen Teil rausziehen Achso Das mach ich aber später Das mach ich ja dann nicht Also ich füll's Ah Dann kann es einfach so rausziehen Ah Lift to fill Okay Ich mach's wieder rein Einige Firestarter Mystic Warum geht das denn nicht Firestarter Okay So Feuerzeug Vorsicht Gefährlich Kinder Nicht spielen Waldbrände Oft Böse Wald brennt Menschen Kokeln Stadt Tod Nachrichten Berichten Polizei Fahndet Kind Knast Böse Feuer Böse So Heute wieder was gelernt Haben wir einfach mal Haben wir heute einfach mal So Gut Das war Karte 20 und Geschenk Ich freu mich Und ich geh die Treppe wieder hoch Und Jetzt Würde ich sagen Wir haben doch jetzt Adrians Schlüssel gefunden Ne Ein Eindringling Knappe Drogelbecher Beschützt den König Drogelbecher Hetner Gegen Drogelbecher Was Und es ist der original Drogelbecher Wow Ein Traum von Stimmt Sie war ja in Drogelbecher Verliebt Ein Traum von Ein Mann Das hab ich ganz vergessen Okay Drogelbecher Gut Dass wir den Rollstuhl Behalten haben Sonst hätte der nämlich Angegriffen Zuerst Drogelbecher 62 Lebenspunkte Also Schon gut Kraft Kraft Angriff 10 Damage Also genau wie Hulgor W4 Sein Intellekt Angriff ist zum Glück nur auf 3 Intellekt bei ihm Weniger als Hulgor Das muss man schaffen Ähm Special Move Eiserner Blick Eine Runde aussetzen Gut gebauter Wachposten der Kissenburg Im Aufenthaltsraum Der Anstalt Ein Traum Von einem Mann Ich schalte gleich um Ich wechsle gleich Hier Drogelbecher Ein Traum von einem Mann Ich schalte um So Kannst du wie in die Pony Damals den ganzen Kampf nur Drogelbecher sagen Ich würde es gerne machen Aber dann Dann komme ich mit den Zahlen Durcheinander Ich muss mit den Zahlen Ich muss das selber reden Um Mich da ein bisschen Zu konzentrieren Glaube ich So Edna ist die erste Die angreift Weil sie immer noch Mikes Rollstuhl hat Deswegen liest man von Mike Auch nichts mehr Ähm Drogelbecher 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 Wenn ich den ganzen Kampf nur Drogelbecher sage Dann sage ich am Ende Ich habe den Kampf gewonnen Und ihr wisst gar nicht warum Hm Ja Hm Das ist eine gute Idee So Okay Drogelbecher Drogelbecher Äh Drogelbecher 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 Mhm Drogelbecher Äh Drogelbecher Ja Drogelbecher Ja Drogelbecher Ja Ja Ähm Äh Äh Drogelbecher Drogelbecher Ähm Drogelbecher Droggelbecher. Droggelbecher? Ah puh, ah puh, ah puh. Droggelbecher, puh. Droggelbecher, Droggelbecher, Droggelbecher. Äh, hier, Drogel. Naja, Droggelbecher. Äh, Droggelbecher. Droggelbecher minus eins. Droggelbecher, ähm. Ähm, Drogelbecher, äh, äh, Drogelbecher. Drogelbecher. Drogelbecher, äh, Drogelbecher, Drogelbecher, ja. Äh, ja, Drogl. Oh, ah, ähm. Ich habe eine Frage, Droglbecher. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Wenn wir jetzt die Biene einsetzen bei Lilly, dann zählt nicht, dass sie Harvey hat, ne? Da zählt nicht, dass sie Harvey hat. Wenn wir den Giftstich machen, oder? Ja, sonst machen wir ja 4 Damage. Hm? Hm, nein, ja. Leute, ihr könnt das doch gar nicht beantworten. Ihr wisst das doch gar nicht. Ihr habt das noch nie gespielt. Ja, genau, weil Harvey plus 1 auf alle Schäden macht, deswegen frage ich, ob das dann auch dazu zählt. Hm? Hm? Nee, ich habe Harvey bei Lilly nicht abgelegt. Nee, 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 habe ich nicht. Hm? Hm, hm, hm. Ist der ist bestimmt schon eingeschlafen, weil ich so spannend spiele. Ähm. Wie fühlt es sich an, ein Spiel zu spielen, bei dem Backseat-Gaming nicht möglich ist? Handyplayer, ich glaube, bei jedem Spiel gibt es Backseat-Gaming. Häcki, 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 bei Tengen. Ach, die wandeln die aus dem Busch. Ähm. Stereo schreibt, ich bin immer noch gehypt. Hä? Hä? Ja. Ja, das ist sehr gut. Ich freue mich auch sehr. Ähm. Hat Jo vorhin erklärt, zählt nicht dazu. Stimmt das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du musst Karte 21 ziehen, habe ich schon gemacht. Ich bin gerade schon mitten im Kampf. Ähm. Laut Erklärung bleibt es bei 3. Ist das richtig? Ja, gut. Okay, na gut. Na gut. Okay, Droglbecher. Ähm. Droglbecher. 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 Ah, Droglbecher. Ähm. drogelbecher 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 Okay, Droggelbecher, Droggelbecher, ähm, Droggelbecher. Oh, fuck. Droggelbecher. Droggelbecher. Droggelbecher, äh, ähm, so, äh, Droggelbecher, Droggelbecher, oh, warte mal, oh, äh, Droggelbecher, Droggelbecher, ähm, Droggelbecher, ja, Droggelbecher. Droggelbecher. Mist. Okay, Droggelbecher, 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 Droggelbecher Droggelbecher 30 Droggelbecher 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 Oh, Drogelbecher Drogelbecher, Drogelbecher Drogelbecher, Drogelbecher Drogel, 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 Drog Drogelbecher, Drogelbecher Drogel, Drogel, Drog, Drog, Drog Drogelbecher, Drogelbecher Drogelbecher Kaputt So, Drogelbecher ist kaputt Haben wir gemacht Und ich hab sogar vergessen, durch das Drogelbecher hab ich in jeder Runde vergessen, uns zu heilen, durch Petra habe ich völlig untersagt. Habe ich völlig unter, habe ich direkt, äh, ja. Okay, Drogelbecher haben wir wegrasiert. Gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Also funktioniert inzwischen eigentlich ganz gut. So, und das, obwohl wir schon den Special Move hatten. Ähm, Gott, triggert mich das. Ihr dürft, wenn euch das getriggert hat, schaut euch nie die letzte Folge, äh, von Edna-Bricht. War das Edna-Bricht? Nee, es war, doch, das war Edna-Bricht aus, ne? Nee, Quatsch, das war Depon... Nee. Mann, welche Folge waren das? Deponia war das, ne? Deponia 1. Ja, Deponia 1, der Drogelbecher-Modus, das war das nämlich. So rum. Ich verbinde Drogelbecher automatisch natürlich mit Edna, aber es war Deponia 1, die letzte Folge. Bloß nicht gucken. Ich glaube, es gibt einige Leute, die haben die Folge wirklich komplett geguckt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das damals geschafft habe, das aufzunehmen. Ähm, Okay, gut. Das war Drogelbecher, den haben wir. Kampf gewonnen, jo. Edna? Edna, bist du es? Jo. Oh, sieh nur, Drogel. In unseren schwersten Stunden schickt uns der Herr einen neuen Streiter. Drogelbecher. Sei mir auch gegrüßt, Drogi. Drogelbecher. Oh, entschuldige. Drogelbecher. Komm herein, Edna. Und du, mein guter Wachposten, repariere er doch bitte das Tor. Er reichte ihm Nadel und Faden, und während Drogelbecher mit dem Vorhang beschäftigt war, zog König Adrian ein großes Pappschwert. Edna, getreue, Edna, da du nun zurückkehrtest, möchtest du dich meinem Hofstaat anschließen und dem Willen des Königs folgen? Es würde uns bestimmt Vorteile bereiten, oder? Es würde uns bestimmt Vorteile bereiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Edna sich unterwirft, aber im Kampf... Ah ne, Dr. Marcel ist ja weg. Dr. Marcel gibt es ja nicht mehr. Na gut. Chat, wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn aus, Chat? Wollen wir beitreten dem Hofstaat? Weil ich bin selber unsicher. Weil ich weiß nämlich nicht genau, was das bewirken wird. Ich sehe am meisten, ja... Okay, jetzt weiß ich, jetzt bin ich verunsichert. Aber ich glaube, ich sehe am meisten... Ich weiß nicht, was ich am meisten sehe. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Was soll ich denn wählen? Ich bin verwirrt. Klingt lustig, also ja. Ich würde einfach mal, ähm... Ein ganz klares vielleicht. Edna ist Alleingängerin. Wirf doch eine Münze. Okay, pass auf. Der Würfel wird entscheiden. Eins, zwei, drei für ja. Vier, fünf, sechs für nein. Eins, zwei, drei für ja. Okay, es ist sehr eindeutig. Es ist sehr eindeutig. Wir treten nicht bei. Vergiss es. Eines Tages werde ich die Präsidentin des Aufenthaltsraumes. Wählt mich. Ich möchte eine Welt, eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich... Aber Edna! Badewasser verkaufen. Wir fliehen doch wieder. Oh, stimmt. Ach so. Ich lasse dir deinen Posten. Ich hab ihn eh nicht wirklich gewollt. So sei es. Hiermit schlage ich dich zum Ritter der Kissenburg. Nun, ziehe hinaus in die Welt und rette die Anstalt von ihrem neuen Übel. Ähm. Was schaust du so? Welches Übel? Oh, ich verstehe. Du willst Hilfe für deine Dienste. Wie du willst. Treuerknappe Droggelbecher. Hiermit sei es beschlossen, wenn Edna dich braucht, wirst du ihr beistehen. Uh, ein neuer Mitstreiter. Mal, mal. Oh. Schließlich ist dein Posten hier bei meiner Burg. Edna musste also mit Bedacht entscheiden, wann sie ihren neuen Begleiter nutzen wollte. Nur noch eine Sache. dafür, dass du mir meine Puzzle-Medaille abgenommen hast, verlange ich Rache. Nein. Oh nein. Wir müssen gegen den König kämpfen. Ja, leck mich doch am Arsch. Warte mal, das ist... Das ist Julian? Ist das Julian? Das... Ich muss noch mal ganz kurz. Das ist Julian? Seit wann hört sich ein Julian so männlich an? Den hätte ich nie erkannt. Das ist Julian. Der hört sich doch gar nicht so an. Ich hab den mal gesehen. Da stand er in Unterhose in Berlin auf so einer Orangenkiste und hat versucht, die Meute aufzuwiegeln und Witze zu erzählen. Und das war so, ja, dann hab ich noch einen Witz gehört. So ungefähr. So. Barbara, doch Barbara... Also ich wusste, ich kannte Barbaras Stimme ja nicht. Weißt du? Also, aber ich hab gelesen, dass sie es gewesen sein soll und dann war sie auch da. So. Also das ist... Jetzt muss ich also Julian in die Fresse hauen. Oh, endlich. Danke für all die Witze. Oh, oh, Stereo. Ich danke dir für diese Gelegenheit. Ah. Es ist ein guter Abend. So. Boah, endlich für all die Witze. Problem ist... Okay, Stereo... Äh, Stereo, nicht Stereo. Julian hat 65 Lebenspunkte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er die hin hat. Der geht wahrscheinlich jetzt hier zu... In die Muckibude immer. Ähm. Zu McFit wahrscheinlich abends immer. Und er trainiert da aber. Nicht an den Geräten, sondern er macht immer mit dem... Er zieht immer die Clubkarte immer durch den Schlitz. Und das ist sein Muskeltraining erst mal. Bevor er überhaupt an die Geräte darf, muss er die Clubkarte immer durch den Schlitz ziehen. Das ist der Muskelaufbau. So. Gut. Der Julian macht mit seinen Clubkartenarmen macht er 6 Damage. Aber mit seinem messerscharfen Verstand und diese Witze kommen ja nicht von ungefähr, sondern er kann immer aus dem Witzebuch vorlesen. Deswegen macht er mit seinem Verstand 7 Damage. So. Und... Er hat einen Special Move. Bei seinem Extraschlag macht er 5 Schaden und es muss erneut gewürfelt werden. Wenn er jetzt gewinnt, wie stehe ich denn dann da? Was mache ich denn am besten? Ah. Drogelbecher, Drogelbecher. Drogelbecher, Drogelbecher, Drogelbecher. Drogelbecher. Also... Gesprochen von einem guten Mod, der sich mit Gitarren auskennt. Ach so, guter Mod. Das ist gar nicht, Julian. Ach so. Na, ich mache nur Spaß. So. So. Okay, gut. Er weiß es zwar noch nicht, aber er wird bald abdanken, steht da. So, gut. Dann wollen wir mal. Lieber Julian. Aber ganz ehrlich, voll geil gesprochen. Muss ich einfach mal. Muss man ja auch mal. Ne? Da kann man ja auch mal. So. Julian, mein Lieber. Ich mache einen Strich unter Drogelbecher. Wir gehen in die nächste Runde. Edna bricht das Gesicht. Juliens. Mit elf Hitpoints. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, ne? Elf Hitpoints hat sie gerade. Also elf Hitpoints zieht sie ab. Beim Julian. Das heißt, er geht direkt schon mal. Ähm. Ich mache hier nochmal. Ich schreibe jetzt Julian auf. Ich schreibe nicht. Ich schreibe nicht Adrian auf, sondern ich schreibe Julian auf. Ähm. Von 65 geht er runter auf 54. Direkt auf 54. Ähm. Jetzt wäre Julian eigentlich dran. Aber das Erste, was ich mache, ich werfe diesen siffigen Becher auf Julian. Das ist das Erste, was ich mache. Erstmal fetten, siffigen Becher draufwerfen. So. Deswegen kann Lily angreifen. Lily macht natürlich einen Giftstich. Das macht erstmal nur drei Damage. Das heißt, Julian geht runter auf 51. Zarte 51. Das ist Julian mit 65 Lebenspunkten. Das ist so ein bisschen, als hätte er gerade seine Hulkbuster-Rüstung an. So. Okay. Gut. Dann. Habe ich was vergessen bei Lily? Nee, ne. Der Giftstich ohne Harvey. Okay. Äh. Ich hab nix vergessen. Oder? Nee. Julian konnte nicht angreifen. Edna ist wieder dran. Und die macht wieder elf Damage. Das heißt, Julian geht runter auf Pfirsich. So wie seine Haut. Pfirsich. Lebenspunkte. Okay. Er hat Pfirsich-Lebenspunkte. Und jetzt würde ich den Julian noch mal ganz kurz mit einer Bleed-Zeitung vermöbeln. Das will ich mal ganz kurz ausprobieren. Dafür muss ich würfeln. Eins, zwei, drei. Fail. Vier, fünf, sechs. Hurra. Wir haben eine vier. Ihr müsst mir leider glauben. Es ist hier. Ich hebe das immer hoch und zeige das so. Mehr kann ich gerade nicht machen. Wir haben eine vier. Ähm. Julian setzt aus. Tut mir leid, Julian. Es tut mir sehr leid. Kann er die Items mehrfach verwenden? Nein, mache ich ja nicht. Pro Kampf kann ich die einmal verwenden. Und ich mache das immer gleich zu Anfang natürlich. So. Dadurch ist jetzt wieder Lily dran. Dann Lily macht noch einmal den Giftstich. Mit dem Gift von der letzten Runde sind wir über fünf Lebenspunkten. Julian geht runter auf 35. Edna greift an für elf Lebenspunkte. Julian geht runter auf 24. Die Hulkbuster-Rüstung ist beinahe zerstört. So. Ähm. Und jetzt würde ich sagen, Julian darf. Die XP nicht vergessen. Haben wir noch einen Kampf gehabt, wo war die XP? Oh ja, Drogelbecher-XP habe ich noch gar nicht eingetragen. Das mache ich mal ganz schnell, bevor ich das vergesse. Die Drogelbecher-Erfahrungspunkt. Da haben wir wieder zwei Erfahrungspunkte. Wenn Julian gleich vermöbelt ist, können wir uns wieder einen dritten machen. So. Julian, hä? Komm schon. Komm. Gib alles. Nein, lieber nicht. Julian greift mit seinem Intellekt an. Ja, gut. Aber. Julian, der alte Frauenschläger, ja, greift Edna an. Und zwar boxt er ihr nicht ordentlich ins Gesicht, wie es sich gehört, sondern er boxt ihr aufs Nachthemd. Wahrscheinlich auf eine Buse. Das ist unerhört, Julian. Das ist unerhört. Also, ich bin, ich persönlich bin empört. Aber gut. Durch die Buse verliert sie einen Lebenspunkt weniger. Und das heißt, wir sind dabei bei sechs Schaden. Das heißt, sie hat hinterher noch 14 Lebenspunkte. 14 Lebenspunkte. Gut. Jetzt kommt Lilly. Und die massakriert den Julian mal ordentlich. Für vier Lebenspunkte. Plus vier Gift. Gleich acht Lebenspunkte. Julian fällt runter. Er droppt auf 16. Oh, ich hab die Heilung noch gar nicht gehabt, ne? Edna wird geheilt. Edna wird geheilt für auf einen Lebenspunkt. Äh, um einen Lebenspunkt, nicht auf einen Lebenspunkt. So. Der Heel von Petra, genau. Den haben wir gerade gehabt. So. Jetzt wehrt sich Edna natürlich. Edna wehrt sich. Wenn man, wer Edna auf die Buse boxt. Prost Mahlzeit. Sie drömelt dem Julian ordentlich eine weg. Elf Lebenspunkte runter. Julian spuckt Blut. Da ist nicht mehr viel zu holen. Die Zähne bilden eine schöne Perlenkette. Und Julian ist runter auf fünf Lebenspunkte. So. Und er ist natürlich dran. Was er jetzt noch macht. Ja, er hat jetzt noch ordentlichen Bluthusten. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Damage der Bluthusten anrichtet. Oh. Verdammt. Oh. Verdammt. Der Bluthusten Juliens ist leider hochgradig toxisch ansteckend. Er spuckt noch irgendwelche alten Witze samt der letzten Szene raus. Und hat seinen Special Move aktiviert. Der erste Witz. Und wenn der Julian anfängt Witze zu erzählen, hört er nicht mehr auf. Der erste Witz trifft Edna für fünf Lebenspunkte. Minus eins sind elf. Julian spuckt aber gleich direkt nochmal den nächsten Witz. Und es ist leider ein sehr intellektueller Witz. Und er macht Minus Nachthemd. Sechs Lebenspunkte zieht er ab. Und Edna geht runter auf vier Lebenspunkte. Das ist tragisch. Und Lilly, die einfach zufällig daneben steht, hat gerade ganz kurz mit Batteriesäure gespielt. Julian vergeht in einer lila Pfütze, die von Zensurgnomen angemalt wird. Julian ist nicht mehr. So. So, warte, ganz kurz. Prima. Julian ist nicht mehr. Wir haben Karte 22 gezogen. Das funktioniert gut. Kampf gewonnen. Jo. Erneut verloren? Nun. Dann muss ich wohl mein Schicksal akzeptieren. Dennoch bleibe ich der König. Ein solcher Posten braucht Erfahrung. Der ist ja widerlich. Das meint er wahrscheinlich auch noch ernst. So, wir haben übrigens drei XP gesammelt. Die drei XP wandle ich mal um. Ich wandle die mal um in Konzentration bei Lilly. Wir leveln die Konzentration bei Lilly. Damit sind wir auf 14. noch einmal hat sie 15. Zielkarte 23. Oh, wir haben noch einen Mitstreiter. Wir kriegen Droggelbecher als Mitstreiter. Bäm. Hallo. Droggel, Becher, Bäm. Mitstreiter. Drogel, Bäm. Drogel, Bäm. Drogel, Bäm. Drogel, Bäm. Es ist, ja, hier ist Drogelbecher als, okay, pass auf, Drogelbecher, oh, der hat aber nur, der hat nur 18 Lebenspunkte. Der hatte gerade eben noch so viele. Der hatte gerade 62, aber wenn wir den kriegen, hat er nur noch 18. Er hat sieben Kraft, drei Intelligenz und sieben Konzentrationen. Okay, ein neuer Mitstreiter, sechs Speedpunkte, der schnellste bisher, ohne Rollstuhl. Drogelbecher hat sieben Schaden. Ich gebe ihm jetzt mal das Feuerzeug. Drogelbecher kriegt das Feuerzeug. So, okay. Drogelbecher ist nur für einen Kampf da. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, oh nein, das Kopfhörerkabel, das ist schwierig mit dem Kostüm gerade. Warte. Ich muss das mal wieder rausziehen. So. So, Schlenxo möchte, glaube ich, gerne gebannt werden. Dann hier, so. Gut. Das haben wir. Dann, ne, den Hammer hat Edna. Den Hammer behält auch Edna. Er hat das Feuerzeug, dadurch kriegt er zwei mehr Kraft. Ach nee, das Feuerzeug macht zwei Schadenspunkte, egal bei was, ne? Das Feuerzeug. Feuerzeugzusatz. Schon der Gedanke an dem brennenden Mond weckt den Kampfgeist. Plus zwei Schaden, also egal bei was. Wir haben also bei Kraft und bei Intelligenz plus zwei. Müsste es eigentlich sein. Müsste es eigentlich sein. Ja, ja, ja. So. Okay. Egal wo, richtig. Sehr gut. Gut. Zielkarte 23 haben wir gemacht. Oh. Weiter geht's. Hier. Erstmal gucken, was sagt er. An dieser Stelle möchte ich kurz über den Grundriss reden. Es war sehr schwierig. Der Stirio redet wirklich sehr gerne über den Grundriss. Ich wollte es nur mal ganz kurz anmerken. Er redet sehr gerne über den Grundriss. Es ist ein sehr schöner Grundriss. Er ist auch sehr gelungen. Und es funktioniert auch. Oh, was haben wir denn da? Alles. Es funktioniert auch alles. Okay. Juhu. Geschenk 22. Ja, Geschenk 22. Ja, Geschenk 22. Geschenk 20 von Stirio. So. Was ist das? Es ist eine Kassette. Nein. Das ist zu klein für eine Kassette. So, warte, 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 warte. Okay. Ist das alles eine Ebene? Na gut, das stimmt natürlich. Okay. La, 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 la. So. Was ist das denn? Hä? Nein. Oh, das ist schon, da musst du vorsichtig sein. Warte. Flupp. Ihr kennt vielleicht das Edna und Harvey Kartenspiel? Nun, Kinder, jetzt gibt es noch das neue kostenpflichtige DLC Edna und Harvey Lilly Deck. So. Erlebe neue Abenteuer mit deinen Freunden aus Edna bricht aus und Harwys neue Augen. Nutze verschiedene Typen und Techniken, um deine Feinde zu bezwingen. Lillys Deck enthält 40 Karten und witzige Sprüche von Edna. Und natürlich nur echt mit dem Zensurgnom, den man jetzt wieder sehr scharf sieht. So. Es gibt noch ein Deck. Okay, ich muss noch mal ganz vorsichtig. Ich will nichts kaputt machen. Alter, das ist unfassbar. Hä? Hä? Stereo? Stereo? Warum ist denn... Ein Stream oder Video zu dem Kartenspiel wäre nice. Ich muss vielleicht mal... Die sehen hinten alle so aus, ne? Ich... Diese Karten. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein Copyright Infringement darstellt. So. Sieht man die Karten? Hier? Warte, warte. Alles klar, ihr kennt die schon. Okay, ja, es sind Yu-Gi-Oh-Karten. Es sind einfach Yu-Gi-Oh-Karten. Da sind bestimmt seltene dabei, ne? Gerfried Eisenritter haben wir zweimal. Gaia, Ritter des dunklen Windes. Ausgebildeter keltischer Wächter. Kibitischer Ritter. Plünderner Hauptmann. Plünderner Hauptmann. Truppen im Exil. DD Kriegerin. Matazza der Zappa. Mystischer Schwertkämpfer Level 2. Mystischer Schwertkämpfer Level 4. Mystischer Schwertkämpfer Level 10. Ninja Maestro. Mazouke, keine Ahnung. Hier, Garfield, der Schwertmeister. Bewaffneter Samurai Benkai. Göttliches Schwert Phönix Klinge. Ähm, Stabstahl. So. Mystischer Raumtaifun. Riesentrunade. Äh, Blitzklinge. Dann nochmal schwerer Sturm. Verstärkung für die Armee. Verstärkung für die Armee. Die lebendig heimkehrenden Krieger. Fusionsschwert Murasame Klinge. Baru Wunden reißende Flambergé. So. Fee der Quelle. Fee der Otto. De. Nachladen. Nachladen. Fliege. Blitzschlag. Verbergende Schwerter. Befreiung. Ruf der Gejagten. Magische Störung. Königlicher Erlass. Und Ketten-Explosion. Und einige, die ich nicht vorgelesen habe. Ähm, hier. Kriegerlady der Einöde. Dunkelklinge. Goblin Angriffsgruppe. Und hier ist wieder Gerfried Eisenritter. Schön. Sind da gute Karten dabei? Ist das ernsthaft? Einfach das erste Krieger Structure Deck. Okay. Das sind wunderbar. Oh, da ist noch eine Bonuskarte. Die hat sich noch drin versteckt. Gilford die Legende. Der ist Gold. Der ist bestimmt super. Gilford ist super, ne? Fliege ist ob. Ja. Die Fliege habe ich auch mit dem Karten ins Kartendeck gepackt. Ja gut. Krieger Starter Deck passt natürlich. Aber ganz ehrlich. Auch damit mache ich Julien platt. So. Ich kenne nicht einen. Die sind zu neu für mich. Aber das ist natürlich, ja. Okay. Ja, das ist das Lilly-Karten-Deck. Ich werde es trotzdem in Ehren halten. Ich werde es natürlich trotzdem in Ehren halten. Gut. Geschenk 22. Ja. Und hier. Und da. Und dort. Und dort. Und hier. Und da. Dort. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts mehr drin. Na sowas. Okay. Gut. Dann. Das kann ich gut gebrauchen. Wo kommt denn das Mod-Glas her? Okay. Wechseln. Achso. Ich muss jetzt eh wieder. Das wird noch gepatcht. Alles klar. So. Noch ein neues Mod-Glas. Wir haben noch einige, ne. Also ich habe wahrscheinlich ein paar übersehen. Aber die sind halt echt teilweise gemein versteckt, glaube ich. Wie das hier gerade. Das einfach random irgendwo lag. Also da muss man wirklich alles abklicken. Das sind ziemlich alte Karten. Zehn Jahre oder sogar mehr. Ja, dann sind die inzwischen Millionen wert wahrscheinlich. Aber das. Das muss ich auch in die Post geben, ne. Das muss ich auch in die Post geben. Warte. Na los. Kamera, bitte. Kamera, bitte. Kamera. Hm. Hm. Man kann es, glaube ich, von da hinten lesen, ne? So. Da. Da wird erstmal eine Weile nur Hustensaft drin sein. Das kannst du aber glauben. Ich glaube, ihr könnt es lesen. So. Die Mods von den Gläsern, die Gronkh. Ich finde, liegen Gronkh einfach nicht am Herz. Ja, so. Genau. Genau so ist es. Genau so ist es. So. Okay. Gut. Pandoria. Tue ich mal eben ganz kurz. Das. Ich schicke ihr das zu. Keine Sorge. So. Gut. Ähm. Mod-Glas 9. Jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwas übersehen habe. Weil die Mod-Glaser wirklich sehr willkürlich. Da kann man schon mal was übersehen. Okay. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Wir haben, glaube ich, hier alles gemacht. Ähm. Hier haben wir auch alles gemacht. Jetzt müssen wir, glaube ich. Da kommen wir dahin. Hier war man nämlich noch. Und wir könnten jetzt im Badezimmer mal gucken. Oh, das Badezimmer stimmt. Das habe ich wieder ganz vergessen eigentlich. Ach, Mann. Eigentlich kann man es wieder selber privat spielen. Ach so. Wechseln. Wechseln. Können Sie wechseln? So. Fragezeichen. Wir gucken mal, wer das ist. Ich werde übermütig. Hau, Cola. Wie kann im Schlafe fließendes Wasser dir helfen? Im Schlafe fließendes Wasser? Was ist denn das für ein Na... Edna! Denk nur nicht darüber nach! Ähm. Nichts für ungut. Sei nicht so besorgt, du kleiner Wirkling. Wirbelsturm. Die Geister des großen Langohrs haben im Traum zu mir gesprochen und mich gebeten, dir zu helfen. So setz dich und bestaune meine Schritte, welche den Regen rufen. Was? Ja, 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 ja. Uff. Was? Hüte dich vor dem, der dem Wind des Chaos reitet. Doch wo Schatten ist, da ist immer auch Licht. Siehe hinter dem Büffel, kleine Hasenfängerin. Hasenfängerin, das kommt mir so bekannt. Hey. Anderes Spiel? Geh dann mal weiter. Hasenfängerin? Hasen? Das war das gerade... Nee. Das war aber nicht gerade von... Wie heißt das nochmal mit den Hasen? Mann. Das war auch so ein schönes Spiel und leider ziemlich underrated. Ich hoffe, da kommt nochmal was. Ich glaube, da kommt nichts mehr. So, Zielkarte 30 und 31. So, warte. Der ist neu. Okay. Aber ich dachte wegen dem Hasen vielleicht wäre das irgendwie eine Anspielung gewesen. Karte 30. Ein alter Schamane voller Weisheit. An den kann ich mich nicht erinnern. Harvey, der war doch im Comic. Das ist... Night of the Rabbit. Ja, Mann. Das meinte ich eigentlich gerade. So. Ich dachte wegen Hasen, aber das war aber dann auch nicht wegen Night of the Rabbit. Nur gut. Hier ist ein Schamane. Schamhamane. Ich wünsche von Night of the Rabbit noch was kommen. Das war so schön. Aber leider... Ja, okay. Ich tue erstmal... Ich tue den Schamane mal dahin. 31. Oh. Regen. Eine Technik. Okay. Okay, pass auf. Wir haben Regen. Regen. Hey, ich schwimme Pommes. Alles klar. Warte. Wir haben Regen. Also da ist eine Regenwolke auf der Karte. Und da steht drauf. Regen. Drei Konzentrationspunkte kostet das. Macht drei Damage. Und feuchte Kleidung verlangsamt den Gegner um zwei Punkte. Dies kann mehrfach getan werden. Ein Regentanz? Ob das Sinn macht? Verlangsamt den Gegner um zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Würde uns eine Runde kosten. Ich weiß aber nicht, ob wir das brauchen. Muss ich mal gucken. Okay, Karte 3031. Haben wir geschafft. Hier ist der Schamane. Hier, haben wir da noch. Waschbecken. Ich kann da nichts entdecken. Waschbecken. Da ist nichts. Noch ein Waschbecken. Hier. Das kann ich gut gebrauchen. Wie kann denn da ein Modglas liegen? Da war nichts. Da war nichts. Ich muss alles anklicken einfach. Ich muss einfach alles anklicken. Oh, wechseln. Entschuldigung. Ich habe gerade einfach auf einen kleinen Punkt in der Dusche gedrückt. Ich zeige euch gleich, wo. Aber da war wirklich nichts. Und dann war aber plötzlich was da. Obwohl da nichts war. So. Okay. Langsam. Oh. Guck mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube nicht, dass sie zieht. Äh. Zieh schaut. Doch. Da ist Seife. Ach, das ist Seife. Ja, sowas kenne ich nicht. Guck mal hier. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht, dass sie zuschaut. Aber. Guck mal hier. Oh ja. Jetzt kann man es sehen. Piano Monster. Die Nati. Guck mal. Oh. Och schön. Oh. Ich finde es sehr schön, dass sie auch noch mit dabei ist. Das finde ich sehr schön. Na. Ich glaube auch mal nicht, dass sie gerade zuschaut. So. Warte mal. Wo tue ich das denn mal hin? Oh Gott. Ähm. Ich. Tue mal Nati in Casey. So. Gut. Habe ich mal. Habe ich. Langsam bin ich jetzt im Hochstapler. Modglas 10. Prima. Gut. Wir haben das Modglas gefunden. Da ist Seife, sagt der Stiri. Das heißt, wir können überall was haben. Hier muss ich gleich nochmal aufdecken. Aber da müsste ich ja theoretisch hier alles anklicken. Ich mach das. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Wieso haben die einen Hotspot? Aber alle anderen nicht. Das irritiert mich. Das kann ich gut gebrauchen. Okay. Modglas 11. Ähm. 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 Achso. Ich hab das nicht gesehen. Wechseln. Ich hab grad einfach nur. Ich hab grad nur Pixel gejagt. Das war wirklich nicht spannend. So. Ähm. Ich hab grad wirklich nur. Ich hab grad nur Pixel gejagt. Sahara. Man munkelt. Da fehlt noch ein H. Sahara. Äh. Nein. Sahara. Jetzt macht das. Jetzt macht die Kamera scharf. Sahara. Jetzt nicht mehr. Schade. Gerade. Eben war ich stolz auf die Kamera. Okay. Ich schiebe Sahara in Pianomonster. Und langsam. Sahara schläft schon. Ja gut. Dann. Dann. Trinke ich heimlich aus ihrem Glas. So. Wechseln. Ich wechsle. Sind das deine echten Haare? Ja. Klar. Sieht man ja. Ich laufe immer so rum. Gut. Okay. Ich habe das gefunden. Hier. Hier hab ich das gefunden. Hier. Ich hab hier kleine. Ich hab jeden Pinöbel hier angeklickt. Hier ist noch ein. Hey Harvey. Auf dem Bild dort bin ich drauf. Was? Das ist ja Jahre her. Nein. Boah. Siehst du alt aus. Was? Alt? Na warte. Was willst du tun? Ein Bild schlagen? Hm. Ich bin verwirrt. Was schaust du so? Früher warst du lässiger. Gar nicht wahr. Ich bin immer noch lässig. Du bist nur zu unreif, um es zu erkennen. Und du bist faltig. Harvey, war ich schon immer so schlimm? Schlimm ist relativ. Nun hör auf zu schmollen, klein Edna. Es ist schön, dich mal wiederzusehen. Ich weiß, ich bin ja auch toll. Früher war ich echt cool. Sag ich doch. War das nicht der Tag, nachdem du Alfred die ersten Zähne ausgeschlagen hattest? Stimmt. Wie war das noch gleich? Ich musste nur richtig auf den Kiefer zielen und schon fielen sie aus wie die Haare von Herrn Hornbüsch. Der Kiefer. Stimmt. Vielen Dank für die Erinnerung, Vergangenheits-Ich. Kein Problem, alte Schachtel. Egal, was du vorhast. Viel Erfolg dabei. Danke. Und dir viel Spaß mit Alfreds restlichen Zähnen. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Ich bin trotzdem cooler. Ich bin trotzdem cooler. Das ist doof. Da hat sie einfach mit sich selbst geredet. Huch, Karte 48? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wo ist die denn? 48. Karte 48. Hihi, ich bin trotzdem süß. Ey, ey, cooler. So. Hab hier gerade nur... Die Stimme ist süß gelesen. So, Karte 48. Oh, Power-Up erhöht Edners Stärke um einen Punkt. Nicht übertragbar. Ich musste nur richtig auf den Kiefer zielen. Hier, Power-Up. Ist aber ein Muskelarm. Ich schalte jetzt mal nicht oben mit wechseln. Ist ein Muskelarm. Hier. So. Wir haben ein Power-Up für Edna. Das heißt, ich kann Edna nochmal einen Stärkepunkt draufballern. So. Edners Karte hat jetzt 12 Damage. Die alte zimmert ordentlich was weg. Diese Karte lege ich mal hier drüben hin. Power-Ups hat man noch nicht. Ähm, sehr gut. Sehr, sehr gut. Läuft. Und hier Teppich? Nichts. Hier? Hier? Das da? Ich kann da nichts entdecken. Hier? Ich kann da nichts entdecken. Hier ist ein ganz winziges Kreuz. Das ist doch nicht. Ihr seht den Maus. Der Mausfall ist hier. Ihr müsst schon hingucken da. Okay. Hier passiert gar nichts. Okay. Und das hier? Die Rose? Auch nicht. Gut. Dann klicke ich mal hier aufs Fragezeichen. Mal gucken, was passiert. Lilly, lange nicht gesehen. Ja, man hat mich aus der Zelle gelassen, als sie merkten, dass ich harmlos bin. Wer ist deine Freundin? Ich bin Edna. Oh, Edna. Etwas Dunkles umgibt dich und versucht nach dir zu greifen. Lass mich versuchen, deine Zukunft zu erblicken. Ich sehe Böses. Ein Mann wird dir in den Rücken fallen. Etwa Harvey? Und Verschämtheit. So etwas würde ich nie tun. Das weiß ich doch. Vielleicht sollte ich lieber mitkommen und auf euch Acht geben. Und so schloss sich das Medium an. Das Medium. Karte 24. Da haben wir sie. Medium passiv. Auf dem Feld platziert. Regenerieren ihre spirituellen Fähigkeiten. Jede Runde. Ein KP. Lohnt sich nicht. Medium. Imedium akut. Nehmen und gut. Äh, ja, Mann. Oh, diese Kamera, ne? Die macht mich, die lässt mich verzweifeln. So. Ihr kennt das Medium, ja. Ihr kennt das Medium. Karte 24. Wir lassen verlesen. Endlich mal wieder. Ding, 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 ding. Medium. Lelly hat sie auf dem Friedhof getroffen. Friedhöfe rocken. Das ist richtig. Und hier haben wir noch Droggelbecher 2. Droggelbecher. Ein Traum von einem Mann. Ha. Und Adrian. Adrian. Er weiß es zwar noch nicht, aber er wird bald abdanken. Das ist richtig. Droggelbecher. 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 Alles klar. Feuerzeug. Feuerzeug. Hey, lass uns den Mond anzünden. Jippie. So langsam wird's Zeit. Aber wirklich. So. Ich glaube, die werde ich nicht einsetzen, weil KP. Ein KP regenerieren lohnt sich einfach gar nicht für uns. Ist ja auch nur regenerieren, ne? Wobei, es könnte sich jetzt bei Lilly gerade lohnen. Die ist passiv. Ich lasse aber Petra. Bei Lilly wird es sich vielleicht lohnen, weil die hat gerade 14 Konzentrationen. Wenn wir einmal verbrauchen für den Giftangriff und sie einsetzen einmal, können wir drei Giftangriffe machen. Aber ganz ehrlich, ich bleib bei Petra. Da bleib ich lieber bei Petra. Die, ähm, hielt uns momentan. Und das find ich ganz gut. Und nein, das mit der Hand dahinter halten hilft nicht. Das funktioniert leider nicht. Ähm. Gut. Das Medium haben wir. Dann gucken wir mal, wer die hier oben steckt. Hi, ich bin die Neue. Und gerade erst eingezogen. Okay. Ich bin Edna. Und das hier ist mein kleiner Freund Harvey. Ich bin Klopsi. Schön, euch kennenzulernen. Warum bist du hier? Ich gucke gerne einem Kerl zu. Das klingt jetzt nicht so verrückt. Ja, ich kann nur nicht aufhören. Der Doktor nannte es eine Zwangsneurose. Also ein Zwang, bestimmte nicht sinnvolle Handlungen ständig zu wiederholen. In dem Fall, ihm zuzusehen. Der Doktor meinte, es gäbe kaum etwas Sinnloseres. Funk und Gronkh. Oh, Frank forever. Ach ja, was auch immer. Du, ich werde dann mal weiterziehen. Am besten, ich erkläre es in einem Lied. Nein! Nein, nicht schon wieder. Nein! Immer wenn ich Twitch besuche, stelle ich mir eine Frage. Habe ich Funk zu oft gesehen? Nein, das ist gar nicht möglich. Vielleicht. Nein, nein, nein. Nein. Muss ich's gestehen? Nein, nein. Bin ich schon süchtig? Oder ist das normal? Ist das normal? Ich weiß, ich schaue jeden Stream und vor mir sind. Nein, vor mir sind. Bin ich schon süchtig? Ist voll gut. Oder ist das normal? Das sind doch nur 30 Stunden die Woche. 30 Stunden die Woche. Danke fürs Zuhören. Hä? Hier, neben dieses Shirt. Ich brauche es nicht. Ist ja kein Funk drauf. Jetzt zieht die Alte sich direkt aus. Klopsi, was denn da los? Was ist denn da los? Aber voll schön gesungen. Was ist da los? Ist die Klopsi noch da? Nee, ne? Die guckt wahrscheinlich gerade Funk. Ach nee, der Funk hat schon aufgehört. Voll schön. Was ist denn da los? Ich habe mir gerade gewünscht, der Song geht länger. So, weißt du? Normalerweise immer so. Ja, nö, da gehe ich mal lieber. Aber ich habe mir gerade gewünscht. Da habe ich mich gerade, dachte ich so. Ja, oh, ach, der hört schon auf. Schade. Ja, das ist aber. Hui. Muss ich, ne? Also, da ziehe ich mal. Da ziehe ich mal. Gut, Hut ist schwierig, aber. Okay. Wenn Klopsi ihr Shirt auszieht, dann enthält dieses Shirt direkt zwei Karten und ein Geschenk. Was soll mir das sagen? Okay. Ich nehme die Karte 32. Da ist Klopsi. Sieht sehr motiviert aus. Mit einem Funk-Shirt übrigens. So, das ist Klopsi. Gerüchten zufolge könnte ich sie doch immer mehr Fame als alle anderen besitzen. Verrückt, nach Punk. Hier, warte, ich schalte mal, ich schalte mal wieder rüber. So. So, äh, 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 ja. Klopsi ist heute leider sehr unscharf. Es tut mir, es tut mir leid. So, wechseln, ja. Ich mache, ich mache einfach nochmal, ich mache nochmal hier, weißte, da mache ich nochmal schnell. Ich mache hier, äh, jetzt mache ich nochmal schnell hier so was. Hier, warte. Willst du mich verarschen jetzt? Mhm, mhm, mhm. Das ist Klopsi. Kann man das gerade, kann man sehen, ne? So, warte. Ich stelle wieder raus. Boah, ich schwitze mir hier gerade einen zu Tode. Ich will nicht, dass ihr euch ekelt, wenn ich es, wenn ich hier so eingeblendet. So, Klopsi. Was? Was? Wie? Was? So. Ja, jedenfalls, äh, das ist Klopsi. Man erkennt es. Ach, es sind Herzen in den Augen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Wahnsinn oder Liebe ist. So. Okay. Okay, ich lege sie hier. Ich lege sie auf, äh, da lege ich sie. So. Ja, die Kamera, die Kamera ist die beste Kamera der Welt. Karte 33. Oh, T-Shirt als Rüstung. Erhöht die Verteidigung um zwei. Okay. Das ist sehr gut. Ein schwarzes T-Shirt. Es ist natürlich, es ist natürlich kein Official Funk Merch, weil sonst ist das T-Shirt nicht ausgezogen. Ähm, warte. Warte. So, warte. Ist. Vielleicht, liebe Klopsi, ist es ja gar keine Sucht. Vielleicht ist es ja Sehnsucht. So. Uah, hier. Okay, und jetzt muss ich gucken. Ich ziehe Klopsis verschwitztes Shirt. Keine Sorge, es ist nicht Hardcore Sommer verschwitzt. Es ist nur ganz leicht angefeuchtet. Das ziehe ich jetzt Edna an. So. Warte, jetzt. Okay, das kriege ich auch schneller befreit. So, Edna zieht sich jetzt ein neues Shirt an. Shirt. Und sie gibt ihren alten Umhang an Lili. So, Lili. Ist das Shirt eventuell Punisher Merch? Dann würde ich es anziehen. So, Punisher Shirts gehen bei mir immer. So, alles klar. So. Lili kriegt endlich mal ein Hemd an. Die lief die ganze Zeit nämlich oben ohne rum. Und das ist schwierig. So. Gut. Wir haben, achso, es gibt auch noch ein Geschenk. Oh, da steht noch was. Warte mal. So. Ohne diesen Punk, Funk, was auch immer. Sieht jetzt viel besser aus. Los, Harvey, lass uns voll kritzeln. Ja, das wäre so toll. Ach, erhöht die Verteidigung. So, das kommt mal auf den Stapel. Und jetzt geht es noch weiter. Ich muss nämlich noch mal ganz kurz. Jetzt muss ich hier wieder in die Szenen rein. Preview noch mal umdrehen. So. Achso, ich muss, nee, ich muss noch mal hier. So, ganz kurz. Geschenk 11 von Dedalick. Es ist bestimmt ein Vollkritzl-Shirt. So, warte, warte. Okay, warte, warte. Es ist auf jeden Fall. Ja. Ach was. Hier Vorsitzhalber. Ich gucke immer noch Vorsitzhalber rein. Ich möchte nämlich nichts übersehen, wenn ich das einfach bei Seite lege. Und dann ist da noch was drin. So. Ach was. Ach was. Ach was. Kann ich das? Das ist aber zu hell, ne? Die heiße ist natürlich so beleuchtet. Das ist ein sehr cooles Show. So. Äh, Shirt. Huch, was? Ich muss mal kurz, ich muss mal ganz was lesen. Oh nein, jetzt muss ich mal, ah. Ja, okay, warte. Okay, warte mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Mich interessiert gerade ganz kurz was. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich glaube fast das nicht, aber... Was? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wovon du redest, Dario. Ich habe keine Ahnung, welches Thema es geht. Aber es tut auch gerade nichts zur Sache. Wir spielen gerade was ganz anderes. So. Wie der Arsch noch rausschört bei dem Shirt von Edna. Okay, pass auf. Dann mache ich mal ganz kurz, ähm... Wir sind auch gerade bei was ganz anderem. So, nicht böse sein. Äh. Resümee. So. Okay. Das ist voll cool. Ist das ein offizielles Shirt? Ich kannte das noch gar nicht. Cool. Ach, schön. Okay. Ich muss das jetzt... Ich lege das mal ganz kurz hier hin. Ich glaube, in der Anleitung haben wir alles schon gehört. Oh, ich brauche Luft. Ist im Shop okay. Ich kannte das noch gar nicht. Ich dachte, ich habe schon alles geplündert. Aber das Shirt kannte ich gar nicht, tatsächlich. Schön. Oh nein. Hier ist gerade alles durcheinander geflogen, als ich das Shirt in die Kamera gehalten habe. Ähm. Drogl, Becher dahin, das dahin, Edna dahin, Lilly dahin, Zeitung dahin. Jetzt geht's wieder. Okay. Gut. Ich schalte wieder rum. Wir haben hier soweit alles aufge... Ne, haben wir nicht. Was ist denn hier mit der Tür? Komme ich hier überhaupt rein? Wie komme ich denn da dann rein? Und hier unten? Da fehlt uns noch irgendwas, ne? Hier waren wir eigentlich schon. Und ich dachte, wir haben hier schon geredet. Aber das haben wir offenbar noch nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt was ausgelassen habe. Oh Gott. Ich habe Angst. Wir kommen hier aber noch nicht rein, irgendwie, ne? Und hier auch noch nicht. Hier ist zwar eine Tür, aber die geht nicht auf. Ich glaube, da müssen wir vielleicht erstmal Leute verprügeln. Von Stiesel. Okay. Stiesel wahrscheinlich hier irgendwo. Oder, oder, ja. Wir gucken uns erstmal um. Da ist nichts. Ein Stuhl. Bonbons. Oh, was haben wir denn da? Karte 37. Let's go. Karte 37. Ähm, so. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Du musst Dinge für Aussparung finden. Karte 37. Ja. Huch. Kaugummi. Effekt 1 heilt 50% der maximalen LP. Oder Effekt 2. 50% auf Aussetzen, wenn auf den Gegner gespuckt. Aber wie, wie, kann man sich den, kann man sich den Effekt aussuchen? Kann man sich den Effekt dann aussuchen? Ich hab vorhin gesehen, dass bei GOG, also bei GOG.com gerade die Spiele im Angebot sind. Hab mir gleich mal komplette Pony 1-4 und Edna 1-2 gegönnt. Freue mich total, hier zu spielen. Lieber Eferos, viel, viel Spaß. Ich beneide dich ein bisschen, weil du die Spiele vielleicht noch gar nicht kennst und das alles neu entdecken kannst. Da beneide ich dich gerade ein bisschen drum. Ach, Mann. Ich würd die Spiele gerne nochmal spielen und die gar nicht kennen. Hm. Ach, schön. Okay, ich kann mir das aussuchen mit den Effekten. Das ist sehr gut. Dann tu ich mir das mal. Vielen Dank, lieber Stereo. Dann tu ich mir das mal hier unter das Mauskabel und werde es immer wieder verschieben. Paket 13. Die Pakete lichten sich langsam. Ich glaube, das ist gut. So. Und dann, ja, hier nochmal. Was ist das denn? Boah, war mal. Was haben wir denn hier? Was zum Teil. Wie lange habe ich die denn nicht mehr gesehen? Wie lange habe ich diese Art von Kaugummis denn nicht mehr gesehen? Von dieser köstlichen Firma mit dem fragwürdigen Namen. Wo man sich immer, wo man früher immer gesagt hat, hihi, die heißen, wieso heißen die so? Ach so, man kann es jetzt gar nicht lesen, weil man sich scharf stellt. Oder? Ja, jetzt hat er, hat er gerade? Nee. Er hatte ganz kurz. Naja, ist auch egal. So, Hitschler. Die heißen Hitschler. Die Firma. Hergestellt in der EU. Ja, muss also gut sein. Ist also Qualität. So. Kaubarazuka. Ja. Schön. Sehr schön. Aber die mache ich jetzt nicht, weil sonst würde ich, glaube ich, sabbern. Ich habe nämlich immer noch, ich habe immer noch nichts gegessen. Ich muss eigentlich, wenn ich hier auflege, wenn ich auflege, wenn ich den Stream beende, muss ich unbedingt was essen. Dreimal drauf gekaut und der Geschmack war weg. Ich weiß nicht genau. Das sind aber nicht die aus dem Automaten immer, ne? Wo man dann immer irgendwie 10 Pfennig bezahlen musste. Und dann hat man irgendwie aus so einem richtig ekelhaften Automaten, der schon richtig versifft war, wahrscheinlich schon 10 Mal drauf gespuckt, mindestens. Ähm, und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Futter was. Mach ich nach dem Stream. Mach ich nach dem Stream. Jetzt ist eh vorbei. Guck mal auf die Uhr. Jetzt wird das nichts mehr. Okay. Karte 37 haben wir. Paket 13. Ich muss sie nachher unbedingt mal probieren. Ich habe sonst Kaugummis immer nur im Auto. Ähm, im Auto kau ich manchmal ganz gern Kaugummi. Normal, aber sonst eigentlich nicht. So, okay. Äh, das hier sieht aus wie eine Bong. Und das hier ist eine Pfanne. Oder ein Waschbecken. Ich kann da nichts entdecken. Da ist aber nichts. Hier ist ein Zettel. Ich kann da nichts entdecken. Da muss doch was draufstehen. Hier? Auch nicht. Okay. Gut, hier. Das kann ich gut gebrauchen. Mottglas 14. Na, 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 na. Nee, 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 nee. Wichtig ist eher das Trinken. Ja, ich glaube, ich hatte hier nicht eine Wasserflasche irgendwo hingestellt. Da, ich sehe sie. Okay Na siehste mal Gucke mal, wir haben es doch alle schon gewusst Und wir haben alle drauf gewartet Hier Ja, hier Da haben wir alle drauf gewartet Ich hätte eigentlich, ich hätte das Paket um 15 Uhr Anfangen sollen, ne Hier, guck mal Das Mienchen Gutes Mienchen Im bösen Spiel Da ist das gute Mienchen im bösen Spiel Die Bladimina haben wir jetzt auch gefunden Und die Bladimina stecke ich jetzt In den Wolki Aber Wolki hat ein schmaleres Glas Ich kann die Miener nicht in den Wolki schieben Das geht nur umgekehrt Ich Tue Miener mal einzeln hier hin Ich hab Miener mal Ganz einzeln hingestellt Und dann Schieb mich in Kami Ich weiß gar nicht mal, wo die ist Hier ehrlich gesagt Ah ne, in Kami steckt schon Wolki Ich möchte mich weiter nicht äußern So, was ist das hier? Nichts, das da Das kann ich gut gebrauchen Geschenk 18 Oh, das ist das vorletzte Geschenk Hör, was ist das denn? Hä, ne Ist das ein DVD? Bitte was? Frag doch nicht Äh Frag doch nicht einfach Das ist doch Bei diesem Mod-Team Generationen Von Inzest Haben unser Mod-Team Ermöglich Nein, ich mach nur Witze Bitte nicht hauen Aua, bitte nicht bannen Bitte nicht bannen Entschuldigung Entschuldigung Wir haben uns eben lieb Huch Hab ich das gespielt? Ne, ne Das hab ich noch gar nicht gespielt Ich muss mal wieder Ich muss mal wieder Am Ball bleiben So So funktioniert Also Gronk Industries Im Hintergrund Alles klar Hi Ach Kamera Komm, das kannst du Ja, ne also Edna und Harvey The Puzzle Welcome to Edna und Harvey The Puzzle The Game For The Computer And there we can There we can Puzzle The verschiedenste Szenen Like in a Puzzle Das hab ich nicht gespielt Das hab ich tatsächlich noch nicht gespielt Puzzle spielen als Challenge Über 100 Puzzles mit Motiven rund um die abgedrehten Comiccharaktere Edna und Harvey Aus der Erfolgsspiele Schmiede Delic Entertainment warten darauf wieder zusammengesetzt zu werden Das sind aber nur Spielszenen, glaub ich, ne Also die kennen wir ja eh schon alle Kann man mal machen Ist jetzt aber nicht so wild Also kann man mal machen So Das ist die erste Regel am Stream Respektiere die Motz Na gut Ich Ich bin Ich bin regelresistent Äh Gut Die müssen mal ein Wimmelbild rausbringen Ja Deadlick Mach doch mal Wimmelbildspiele mit Mit äh Beliebten Charakteren Neun Storys Das wär mal was Das kostet glaube ich nicht so viel Produktion Ähm Und man kann kleinere Storys auch schnell erzählen Indem man Puzzles da rein macht Und Spielelemente Okay gut Geschenk 18 Juhu Dann gehen wir wieder rein Flupp Und ich gucke mal hier Ich kann da nichts entdecken Da ist nichts Da ist nichts Da ist nichts Da ist nichts Okay Hier sind Eierwänder Da ist nichts Ähm So Ich kann da nichts entdecken Und schon wieder Stereo Das ist aber das gleiche Klo Oder Von oben Weil hier die Tür auch offen steht Oder Sieht so aus Da ist nichts Da muss doch was im Klo sein Wie kann denn in einer Venture Game nichts im Klo liegen Das ist fast erschütternd Okay Sonst haben wir hier nicht viel Ich nehme dieses Fragezeichen mit Mal gucken Ich nehme erstmal dieses hier Edna Was machst du denn hier Oh nein Du warst doch da draußen Wie verrückt muss man sein Um von selbst hierher zurück zu kommen Ich sehe schon Du siehst es endlich ein Dass du im psychologische Behandlung gehörst Ha Niemals Oder hast du deinen alten Freund Stiesel etwa vermisst? Ach wie Stiesel Wie könnte ich das nicht? Schließlich stehe ich auf schlechte Witze Witz? Was für ein Witz? Ich habe doch gar keinen Witz erzählt Na du Stiesel Der Witz auf zwei Beinen Okay jetzt reicht's Und wenn ich dich eigenhändig zum Doktor bringen muss Edna Gegen Stiesel Boah Das habe ich mir lange gewünscht Zielkarte 34 Wo hat denn der Stiesel 73 LP her? Und die Stärke Guck mal wie klein er ist Der sieht aus wie ein Larry Leather für Arme Der macht 8 Damage mit seinen Armen? 7 Damage mit seinem Intellekt Und sein Special Move ist ein Golfschwung Minus 2 Tempo 8 Damage und ignoriert Rüstung Ich glaube es hackt Professioneller Minigolfspieler und Wachmann in der Anstalt Dr. Marcells Er ist wie sein Minigolfschläger Ein echter Stiesel Ein echter Stiesel Hä? Ein echter Stiesel Steht Achso Gut Der Stiesel Zielkarte Gut Wir müssen Stiesel verkloppen Time for Duel Ähm Edna Ballert 12 Damage Punkte raus Stiesel Ich muss mal kurz Stiesel vorhin nochmal aufschreiben Stiesel Wind Stiesel Stiesel Den Witz hab ich bestimmt damals auch schon gemacht Ähm 12 Damage Punkte Er hat momentan 73 Das heißt er hat immer noch 62 Alter Stiri Übertreib halt So Okay Ähm Ähm Jetzt wäre eigentlich Stiesel dran Ne Droggelbecher ist ja noch dran Droggelbecher Droggelbecher Benutzt keine Technik Droggelbecher Greift einfach an Sieben Kraft 61 Warte mal 73 AP Achja 12 Damage Ja 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 61 Dankeschön 61 Okay Entschuldigung Entschuldigung Dankeschön Ähm Jetzt Stieel Ne Droggelbecher Macht sieben Damage Plus zwei Feuer Sind neun Damage Neun Damage Macht 52 Jetzt Werfe ich Stiesel Einen siffigen Becher An den Kopf Und Stiesel muss aussetzen Stiesel muss aussetzen Daraufhin kommt Lilly Und macht natürlich wieder ihren Giftangriff Ähm Drei Damage Das heißt wir haben bei Stiesel jetzt 49 49 Ähm Edna ballert wieder für 12 rein Edna ballert wieder für 12 rein Plus Droggelbecher Neun Sind 21 Ich rechne das gerade mal zusammen Sind 21 Damit bleiben noch 28 Punkte übrig Beim Stiesel Sehe ich richtig ne Ich versuche gerade ein bisschen zusammenzufassen Dass wir ein bisschen Ne Hier ein bisschen durchkommen So Ähm Wenn man den GameStreamer abdeckt Und nur Gronkh anschaut Und zuhört Könnte man meinen Es ist live aus der Klapse Was es ja auch ist Im Grunde genommen Edna war zweimal Ja weil Stiesel musste aussetzen Stiesel musste aussetzen Ähm Der wäre jetzt wieder dran Aber Jetzt würde ich erstmal Die Bleed Zeitung einsetzen 1, 2, 3, Fail 4, 5, 6 Funktioniert Ähm 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 Ich brauche Platz zum Würfeln langsam Ich muss die Maus ein bisschen woanders hinlegen Ich habe keinen Platz mehr zum Würfeln Ähm Eine Zwei Oh nein Zwei heißt ja Zwei heißt Stiesel ist dran Ähm Stiesel ist dran Okay Okay Stiesel Hat eine Zwei Hat auch eine Zwei gewürfelt Da ist sie Eine Zwei gewürfelt Stiesel muss aussetzen Puh Hat mit der Zeitung nicht geklappt Aber es hat geklappt mit der Nummer Zwei Also mit der anderen Zwei Gut Ähm Dann Ist jetzt Lilly Ist jetzt Lilli wieder dran Lilly Macht jetzt fünf Ne Doch Nein Ja Nein Ja Lilly greift mit dem Giftstich an Und macht dadurch fünf Schaden Stiesel ist runter auf 23 Plus die nächsten zwölf 23 Minus zwölf Sind elf Wir sind bei elf Schaden Elf Schaden Ähm Plus Droggelbecher Nicht elf Schaden Elf Lebenspunkte Minus Neun vom Droggelbecher Sind zwei Lebenspunkte Stiesel hat nur noch zwei Lebenspunkte Boah gut Dann setze ich mal Kaugummi Effekt zwei Ne ach komm ist egal Stiesel greift an Auf Edna Und er hat schon wieder eine Zwei Stiesel setzt aus Alles klar Stiesel Wir haben Stiesel so vermöbelt Der Stiesel konnte sich nicht mal wehren Wir haben den einfach Richtig hart zusammengeschlagen Wie eine Schulhofgang Wir haben den Stiesel einfach Umgewalzt So Schlüssel von Stiesel erhalten Und Jetzt kommen wir Ach ja XP Ja wir kriegen wieder ein XP So Warte Warte Ein XP Brauche noch zwei Kämpfe Dann kann Lilly Dreimal Special Move machen Ähm Wofür war denn der Schlüssel nochmal? War der für hier? Endlich war es soweit. Edna hatte den Schlüssel gefunden und kehrte zurück zu Hugo. Tada! Auf mich ist Haltverlass. Frei! Endlich aus dieser Zelle raus! Danke, Edna. Nun kann ich endlich wieder Spaß haben. Spaß? Aber wir haben dich doch gerettet, damit du mit uns fliehen kannst. Los, komm, pack deine Sachen und dann... Mit euch? Weg ist es! Dann müsste ich mich ja nach dir richten. Da ziehe ich doch lieber allein los. Er schubste sie um und ging in Richtung der Tür. Was soll denn das? Pass doch auf! Hey, das ist doch das Kaninchen, das ich mir ausgesucht habe. Gib her! Lass sie los! Du machst sie noch kaputt! Sie wird mit uns hier rauskommen. Au! Hört auf, so zu zerren! Edna, tu ihr nicht weh! Jetzt gib schon her, du doofe Kuh! Hach, meine! Was soll der Unsinn? Nach all dem Ärger, den wir wegen dir hatten. Die anderen Patienten hatten wohl recht, als sie mich gewarnt haben. Mir doch egal, was die anderen sagen. Die sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern. Ich bin schließlich nicht auf der Welt, um denen zu gefallen. Ist das zu glauben? Er ist einfach abgehauen. Hätten wir ihn nur da drinnen versauern lassen. Was machen wir nur wegen Merle? Wir holen sie hier raus und verschwinden. Bei dem Patienten Hugo M. handelt es sich um ein besonderes Exemplar. Auffällig geworden ist er durch Respektlosigkeit, Diebstahl, Körperverletzung und Brandstiftung. Er versteht es, andere Leute um den Finger zu wickeln. Nach mehreren Tests steht jedoch fest, dass er seine Talente für seine eigenen Zwecke nutzt. Ein manipulatives, kriminelles Subjekt, das seine Eltern verlor, als er sein Zuhause anzündete. Jedoch auch ein sorgloses Subjekt, so scheint er alles zu verdrängen, was ihn verletzen könnte. Aufgrund seiner Schwererziehbarkeit wurde er von einem Waisenhaus zum nächsten weitergereicht. Der Patient weist starke Parallelen zum Fall Konrad auf. Ein gewaltbereites Kind, das Probleme hat, sich zu kontrollieren und in eine funktionierende Gesellschaft zu integrieren. Durch weitere Beobachtungen und Tests wird erhofft, mehr über die Motive und den Verbleib Konrads zu erfahren. Warum lesen wir so etwas eigentlich immer erst, wenn es zu spät ist? Wer liest heutzutage schon noch? Lesen ist ätzend. Edna! Ich meine, Kinder lest mehr Bücher, Wissen ist Macht, Streber sind cool und esst mehr Rosinen. Sie sind die Süßigkeiten der Natur. Unterstützt vom Zentrum für Kindesentwicklung. Seufzend wandte sich Edna der Tür zu und ging noch einmal in sich. Der Doktor sucht also nach mir. Harvey, ich glaube, es war keine gute Idee, hierher zu kommen. Ich sehe übrigens, der Chat hier unten, der scrollt durch, aber bei Chatty kommen keine neuen Nachrichten durch. Also, ich sehe, dass hier unten was durchscrollt, aber das kann ich nicht lesen, weil das zu klein in der Preview, aber Chatty funktioniert gerade wieder nicht. Twitch wieder ganz weit vorne mit dabei. Oder vielleicht Chatty, ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier gerade am hakeln. Jetzt läuft es hier durch. Jetzt läuft es hier durch. Rosinen, ganz ehrlich, Rosinen will keiner haben. Aber ich glaube, es hängt hinterher, oder? Ah, nee, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt funktioniert es wieder. Okay, Rosinen, widerlich. Niemand mag Rosinen. Okay, ähm, gut. Dann haben wir den Schlüssel für hier. Was ist hiermit? Die Tür zum elektrischen Stuhl stand nun offen. Wenn Edna vorsichtig war, könnte sie vielleicht jemanden schocken, ohne dass jemand mitbekam, dass sie am Stromkreislauf rumhantierte. Doch wen sollte sie grillen? Was? Ähm. Was? 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 Ähm. 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 Und übrigens, Franzi, ganz liebe Grüße. Ich habe es gelesen, ich konnte aber gerade nichts sagen. Franzi, ganz liebe Grüße. Hallo. Da. So. Ähm. Äh. Ich weiß, ihr wollt alle den Alu-Mann grillen. Ach ja. Ja, vielleicht, ja. Macht vielleicht sogar Sinn, den zu grillen. Weil wegen Blitz und Energie und so. Aber ganz ehrlich, ich würde auch. Aber ja, Alu-Mann macht am meisten Sinn. Kommen, wir grillen den Alu-Mann. Edna, nicht doch. Ich habe es dir doch schon erklärt. Ich kann keine Energie mehr speichern. Versuchen wir es trotzdem. Augen zu und durch, Alu. Oh, ich, äh. Ja, ja, ich fühle es. Oh. Meine alte Kraft ist wieder da. Ja, das hört man deutlich. Edna, meine Gute. Danke fürs Erleuchten. Wenn du mich brauchst, stehe ich dir bei. Ziehe, Karte 38. Du lieber Funk. Der Funk steht uns jetzt bei. Wir ziehen den Funk. Da ziehen wir ihn doch einmal raus. Funk. Ich möchte ganz kurz erwähnen. Funk Royal. Befindet sich gerade mitten in der Mops-Wochen-Challenge. Ja. Und wie ich sehe, hat der Max uns gerade angestöhnt. Genau das hat er getan. Ich glaube, er kam überzeugend rüber. So. Max, also der, ne, der Funk befindet sich gerade in der Mops-Wochen-Challenge. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch verfolgt, wo er seinen Körper stehlt. Und tatsächlich, ich sehe die Ergebnisse. Funk, hier auch mit Foto vertreten, ich zeige euch das gleich, mit Foto vertreten, ähm, bringt es auf erstaunliche 14 Lebenspunkte. Das sind sechs weniger als Edna. Nachdem er hier wieder aufgeladen wurde, nach der Mops-Challenge, erstaunliche 14 Lebenspunkte und seine männlichen, hünenhaften Arme. Ja, ist ein bisschen wie Captain America, nur Deutschland, also eher so Captain Deutschland, Captain Berlin. Denn seine Arme besitzen eine Kraft von drei. Zum Vergleich, Lilly hat vier. Lilly hat vier. Warum hat der Mann nur drei Kraft? Warum hat der denn nur, warum hat der nur drei Kraft? Was ist denn los? Oh, oh, ich fühle mich wieder. Oh, jetzt bin ich wieder zu alten Kräften. Drei. Weißt du so, hm, okay, gut, das ist, äh, ja. Gut, ähm, seine Intelligenz ist auf sieben. Wer hat hier sieben Intelligenz? Keiner. Der Funk ist hier aber der Schlauste von der ganzen Bande. Der ist wahrscheinlich der Präsident hier in dieser Anstalt. Ähm, die Konzentration ist aber bei neun. Gut, das, das klingt, das klingt authentisch. Konzentration bei neun, kann ich glauben. So, und hier ist auch noch ein Foto von Funk. Huch. Hier ist auch ein Foto von Funk. Boah, hier, guck mal, wie das langsam klebt an der Stirn. Ach, Mann. Zeig doch mal Kamera, bitte. Kamera, Kamera, bitte. Kamera, Kamera. Ich will das, ich will das Foto, ich will das Foto von Funk zeigen. Ich finde, das sieht aus wie ein Originalfoto. Deswegen würde ich jetzt gerne, es hat viel, es hat viel Charme vom Original. Ich versuche das mal ganz kurz, ich mache noch ganz kurz wieder diese, diese Heslon-Kamera. Ähm, hier, warte. Hier, da ist, da ist ein Foto original von Funk. Da ist es. Ich finde, das sieht sehr original aus. So schnell wieder eine Preview, zack. Und wir haben Funk in der Party. Aber ganz ehrlich, ich war, ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn ausrüsten soll. Wir haben schon drei Mitstreiter. Okay, warte, ich muss Stirio mal ganz kurz fragen. Stirio, vorhin hat der König gesagt, wir kriegen Droggelbecher nur für einen Kampf. Aber jetzt kam ja keine Zwischenmeldung und der Droggelbecher hat gesagt, da fühlt sich bei uns sehr wohl. Müssen wir Droggelbecher jetzt wieder zurückgeben oder nicht? Also war das eher so dahingesagt oder dürfen wir den doch behalten? Richtig nur ein Kampf. Funk kommt in die Party. Droggelbecher verlässt die Party. Funk äh, nimmt sich ein Feuerzeug. Funk nimmt sich erstmal ein Feuerzeug. So, warte. Er will Droggel nicht gehen lassen, das ist richtig. Ich hätte Droggel natürlich gerne behalten. Aber gut. Funk ist natürlich auch schön. Das Problem ist, seine unglaubliche Maskulinität mit der Dreierkraft wird mich im Kampf immer ablenken. So. So reagieren alle Leute, wenn Funk in die Party kommt. Ne, das Problem ist einfach, wir haben zwei Girls dabei. Ja, die werden natürlich immer abgelenkt sein. Siehe, klopp sie. Ja, das wird halt immer so sein. Er will's ja nicht mal, er strahlt es einfach aus. Das ist es halt. So, pass auf, dass Funk nicht rauchen geht. So mitten im Kampf. Okay. Ähm, Zielkarte 38, das haben wir gemacht. Ansonsten können wir hier, wer so auf den Stuhl... Wer hat ja den König nochmal gesprochen? Wer hat denn den König nochmal gesprochen? Wer war denn das nochmal? Ah, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Wen? Wo wollte man der Witze wegen... Ah, ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Ich klicke mal einfach auf diesen König hier. Ich klicke da mal einfach drauf. Mal gucken, was passiert. Auf geht's, König. Bist du dir sicher, dass... Genug gefaselt. Ah, mein Körper. Was hast du nur angestellt? Dir zeige ich, warum man sich nicht mit einem König anlegt. Wütend von dem Schock stand der Könige auf und griff Edna an. Was? Oh, Karte 47? Oh, das ist nicht gut. Ähm, Karte 47? Die ist ziemlich weit hinten. Oh. Äh, ähm. Gut. Verprügeln wir den nochmal. Wir dürfen Julian nochmal verprügeln. Äh. Der König des Aufenthaltsraumes sind nach dem Schock auf Rache. Und er hat sich auch gehealt. Er ist eigentlich genauso wie vorher. Nur offenbar sehr schnell. So. Also mal als Vergleich, ja. Der Funk hat 14 Lebenspunkte. Der Julian hat 70. 70 Lebenspunkte hat der Julian. Wollte ich nur mal kurz sagen. Dieser Unmensch. Was hat denn der gemacht? Was macht der Julian mit seinem Körper? Und wir haben, ne, wir haben noch gesagt, auf der RPC damals haben wir gesagt, Julian hör auf mit den Steroiden. Du siehst einfach schon aus wie der alte Darsteller von Hulk. Wie Lou Frigno. So. Gut. Äh. Es ist Julian 2. So. Äh. Puh. Edna eröffnet. Die sitzt immer noch im Rollstuhl. Die fährt volle Pulle auf Julian zu und prügelt ihn nieder mit 12 HP. Ähm. Daraufhin hat er nur noch 58. Und 50. Ähm. Okay. Ich schmeiß erstmal einen siffigen Becher auf den, damit er jetzt nicht angreift. Siffiger Becher. Ab auf Julian. Deswegen kann jetzt die Lily erstmal den Giftstich verwenden. So. Den Giftstich, der macht 3 Damage einfach erstmal. Nur ganz bescheidene 3 Damage. Damit haben wir hier 55 Hitpoints. Dann kommt der Alu-Mann. Äh. Der Funk. Der Funk kommt und greift mit seinem unglaublichen Intellekt an. und kombiniert diesen mit dem Feuerzeug. Ähm. Das heißt, wir haben 9 Hitpoints Abzug wieder. Das heißt, wir kommen auf 46, glaube ich. Ich hoffe, das habe ich richtig gerechnet. 46 bei Julian. Minus 12. Weil Edna natürlich auch wieder auf ihn einprügelt. So. Ja, war bis jetzt ganz gut, ne? Das Gift macht den Damage erst in der nächsten Runde. Das Gift macht jetzt noch keinen Damage. Das kommt erst später. Hast du Max ein Feuerzeug gegeben? Ich habe Max ein Feuerzeug gegeben. Der wollte rauchen gehen. Deswegen. Der brauchte halt das Feuerzeug. Da konnte ich nichts machen. Ähm. Gut. Wir sind jetzt bei Edna. Edna prügelt wieder 12 Lebenspunkte aus dem Julian raus. Das heißt, wir sind bei 34. Ja, der Julian mit seiner Hulkbuster-Rüstung. Ähm. So. War Edna nicht vor Lilly dran? Ja, ja. Aber jetzt ist Edna wieder dran. Weil der Julian hätte er ausgesetzt. Also, die Reihenfolge ist Edna, Lilly und Funk. So rum. Ähm. Gut. Jetzt wäre eigentlich der Julian dran. Aber. Wir haben eine Bleed-Zeitung. Die Bleed-Zeitung würde ich gerne einsetzen. Ich würfel sie mir mal kurz zurecht. Ich brauch wirklich mehr Würfelplatz hier. Äh. Wir haben eine 4. Ja. Julian setzt aus. Das heißt, jetzt kommt erst mal wieder Lilly dran. Lilly. Setzt natürlich wieder den Giftstich ein. Giftstich. Äh. Was? Was? Okay. Lilly setzt Giftstich ein. Plus noch den Gift aus der letzten Runde sind 5 Punkte Abzug. 29 Punkte für Julian. Dann kommt Funk, der wieder seinen unglaublichen Intellekt funkeln lässt mit Feuerzeug. Ähm. Mit 9 Punkten. Wir sind also bei 20. Mit Edna. Die 12 rausprügelt sind 8 Punkte bei Julian. 8 Punkte bei Julian. Gronkh, du hast dich verändert. Alle sagen das. Wirklich? Ich hab mich in 10 Jahren verändert? Das ist aber sehr unüblich. Und wenn alle das sagen, muss es ja wahr sein. So. Alle sagen das. Sowieso das beste Argument. Ähm. Aber ich glaub, wegen der Haare, ne? Ich glaub, es müssen die Haare sein. Ich bin mir nicht sicher. So. Ähm. Okay, pass auf. Hä? Das ist ja ein cooles Emote. Das 3D-FX-Emote ist voll cool. Wenn man Voodoo kennt. Ähm. Gut. Julian. Hat 8 Punkte. Redet grad wieder nur durch deine Zähne. Ähm. Die Haare sind nur eine Phase. Okay. Wir setzen den Kaugummi ein. Mit Effekt 2. 1, 2, 3. Funktioniert nicht. Ab 4 funktioniert. Wir haben eine 6. Wirklich. Haben wir wirklich. Hier. Achso. Kann man die sehen. So. Da ist die 6. So. Wir haben eine 6. Julian setzt aus. Müssen wir uns nicht weiter. Wir haben Julian einfach genau wie den Stiesel. Wir haben den Julian einfach quer durch die Anstalt geprügelt. So. Sind schon Ferien gerade eigentlich? Es sind schon Ferien. Ich glaube. Ich glaube. So. Gut. Können die Mods mal ganz kurz gucken, was Mofa Rocker 30 wollte? Der wurde vorhin von den Bots irgendwie. Ah. Es ist Ferienbeginn. Ah. Es ist Ferienbeginn. Alles klar. Der wurde vorhin von den Bots schon irgendwie timeoutet und schreibt irgendwie ganz skurrile Sachen. Können wir mal ganz kurz gucken, was der Mann irgendwie. Ich blick da gerade nicht ganz durch. Gut. Mofa Rocker. Dürfen wir jetzt eigentlich einfach weiterspielen? Oder brauchst du gerade die gesamte Aufmerksamkeit für dich alleine? So. Wir spielen mal einfach weiter. 3DFX, das ist nämlich auch eine Zeit von SVGR. Ja. Boah, SVGR war so großartig. Die ersten Spiele mit, war das nicht Links Golf, was dann auch SVGR hatte? Aber dazu müssen wir irgendwann mehr im Retro-Stream. Gut. Julian verhauen und wieder zurück auf den Stuhl. Gut. Julian wurde verprügelt, aber der schläft, glaube ich, eh gerade schon halb. Karte 47 haben wir durch. Das war der Julian. Okay, wenn ich jetzt aber, aber Droggelbecher, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Okay. Probier mal Peter. Ich mach Peter. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir deine müden, traurigen Zellen mit neuer Energie laden. Ach, was soll's. Auf geht's. Schwer seufzend verließ Peter den Raum und wurde danach nie wieder gesehen. Du kannst ihn nun nicht mehr nutzen. Ich konnte Peter doch so nicht mehr nutzen, oder? Oder ist mir jetzt dadurch was entgangen? Ach so, Nutzen hört sich so negativ an. Du bist wieder da? Naja, was soll's. Schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Gegen diesen Jungen warst du der reinste Sonnenschein. Petner gegen Peter. Hä, nein, komm, das mach ich jetzt nicht nochmal. Wo du eine Technik ausführen kannst. Ja, ja, Kampfgeroll. Ja, ja, das war das Tutorial-Zie-Karte. Das haben wir alle schon gemacht. Okay, ähm, huch, nein, ich muss hier nach oben. Okay, Peter war aber noch da. Ich wollte's nochmal kurz ausprobieren. So. Oh, hier ist der weg. Okay, was mit Droggelbecher? Den haben wir eh nicht mehr im Team, ne? Ach, Peter war ein passiver Charakter. Stimmt, ja, aber den benutzen wir ja zum Glück gar nicht. Okay, gut. Aber ich will Lilly nicht, ich will Lilly nicht verlieren. Ich hab Angst, dass ich Lilly verliere, so wie Peter gerade. Ich trau mich nicht, ich mach mal hier. Ich mach Petra. Runter mit dem Helm und rein mit dem Strom. Ui, wie spannend. Los geht's. Vielleicht wird sie so endlich ein wenig ruhiger. Petra saß selbst nach dem Stromschlag noch lächelnd und plappernd da. Nichts änderte sich. Okay, das hätte man sich, hätte man sich denken können. Da ist nichts. Nichts. Da ist nichts. Nichts. Und hier? Da ist nichts. Und hier? Achso, wäre so auf dem Stuhl. Okay. Ich muss jemanden aussuchen. Oh, ich kann gar nicht X drücken. Ich muss jemanden aussuchen. Immer wenn ich auswesend was klicke. Mach mal einen Droggelbecher. Mach dich bereit, Droggelbecher. Jetzt geht's los. Droggelbecher? Beleidigt zog Droggelbecher von dann. Und weigerte sich fortan, für Edna zu kämpfen. Sollte er dies schon getan haben, so bereute er es nun. Schön. Okay, gut. Aber Lilly mach ich nicht. Weil ich möchte Lilly nicht verlieren. Ja, ich würde sie ungerne verlieren, weil sie ist sehr wichtig in unserem Team. Die anderen waren mir egal. Ja, voll ausgenutzt. Einmal nur. So. Hier rein geht's noch nicht, ne? Ne, da kommen wir noch nicht rein. Ähm, wir brauchen noch irgendwas anderes. Haben wir hier, hier haben wir noch nicht alles. Auf dem Klo. Wen haben wir da auf dem Klo? Hey, Kleine. Langes Zerr. Was treibst du hier? Oh. Suche Zutaten. Mein Stinktrink schmeckt erst dann richtig gut, wenn genug Fußpilzwasser und Urinstein darin ist. Oh. Und die Reste aus den Weichspülerflaschen nicht zu vergessen. Mehr verrate ich nicht. Altes Familienrezept. Danke. Warte. Weichspüler? Du kommst in den Wäscheraum? Habe vor ein paar Jahren den Schlüssel stecken sehen und mitgenommen. Ist nun im Familienbesitz. Welche Familie? Ist auch egal. Kann ich ihn mir mal ausleihen? Gibt's nicht. Bist kein Mitglied der Familie. Dann muss ich ihn mir eben mit Gewalt holen. Ha. Das will ich sehen. Oh. Gegen den Barkeeper. Na herzlichen Glückwunsch. Alter. Wie soll man denn gegen den gewinnen? Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll man gegen den gewinnen? 130 Lebenspunkte. 12 Stärke Damage. 8 Intellect Damage. Special Move ist einmal aussetzen plus 2 Giftschaden. Barkeeper in der Anstalt und Erfinder des berühmten Stinkdrinks. Greift er dich an oder mich? Ich kann es nicht sagen. Sein Blick scheint den Raum zu krümmen. Das krieg ich mal nicht hin. Also vielleicht, ich weiß nicht. Gut, Julien haben wir gerade gut geschafft, aber wir hatten auch Glück ganz viel. Wir hatten sehr viel Glück. Oh, wir haben für uns für Julien gar keinen XP eingetragen, ne? Haben wir davor noch jemanden? Wen haben wir denn davor bekämpft? Den XP habe ich mir eingetragen, glaube ich. Für Julien den aber noch nicht. So. Na gut, es hilft nix. Der Barmann hat sieben Punkte, aber das ist nichts gegen unseren Rollstuhl. Oh, für Stiesel. Haben wir uns für Stiesel XP eingetragen? Oh Mist, ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich mir für Stiesel XP eingetragen? Warte, 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 warte. Ja, da passt wieder keiner auf. Bei den Zahlen hocken die alle? Nein. Ich glaube nicht. Nein, nein, ich glaube nicht, glaube nicht. Okay. Gut, ja dann. Ich nutze die Gelegenheit. Gut, jetzt haben wir nämlich drei XP wieder. Sehr gut. Dann ist gut. So. Dann ist gut. Lilly levelt Konzentration. Und kann somit dreimal Gift einsetzen. Äh, puh. So. Ich muss mir ganz kurz eben, Speicherplatz. Fünf Stunden können wir noch. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr so sicher. Das ist nicht so viel. Äh. Okay. Ähm. Der Barmann. Edna legt los. Und macht wieder natürlich zwölf Damage, wie immer. Äh. Ne, 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 ne. Ähm. Warte, 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 warte. So. Äh. Das ist Barmann. Barmann. Ähm. Der hat hundertdrei... Alter, hundertdreißig. Hundert... Hundert... Hundertzehn hat er noch, ne? Hundertdreißig. Hundertdreißig Lebenswert. Was ist denn da? Ganz ehrlich. Hol dir einen Kaffee, dann klappt das bestimmt. Boah, ich hoffe, wir kriegen den irgendwie platt. Okay. Als erstes werfen wir den siffigen Becher. Das ist klar, damit der Barmann nicht angreifen kann. Ähm. Dann macht Lilly. Giftstich mit drei Schaden. Mehr wird es leider nicht. Drei Schaden. Oh, ich hab halt Lilly sonst immer Harvey ausgelassen, wenn sie angegriffen hat, seh ich gerade. Da hab ich immer einen Punkt ausgelassen. So. Okay, okay, okay. Ähm. Lilly Giftstich. Drei Damage. Das ist nicht viel. Macht hundertfünfzehn beim Barmann. Der Funk greift für neun Punkte an. Und damit haben wir Hundert Sechs. Immer noch beim Barmann. Immer noch hundertsechs. Leck mich am Arschili. Puh. Ähm. Ne, wir können auf keinen Fall aufhören, den Stream beenden. Wir können doch jetzt nicht mitten in diesem Spiel. Das geht nicht. Ich kann ja hier nicht speichern einfach. So, nächstes Mal weitermachen. Das geht ja nicht. Extrem männliche neun Punkte. Das ist natürlich richtig. Das stimmt natürlich. Ähm. Barmann immer noch hundertsechs Punkte. Puh. Okay. Ähm. Ach so. Jetzt ist Lidi ja wieder dran. Äh, Edna ja wieder dran. Oh Gott, ich bin auch schon ein bisschen durch. Äh. Die greift wieder an für zwölf Punkte. Das heißt, wir sind bei vier und neunzig. Vier und neunzig. Ähm. Und anschließend probieren wir es mit einer Bleed-Zeitung. Ich brauch wieder ein bisschen Platz. So. Oh Gott, oh Gott. Eins, zwei, drei, nein. Vier, fünf, sechs, ja. Wir sind tot. Es ist eine Eins. Ja, Edna hat noch den Rollstuhl. Wir sind eine To- äh, wir sind, wir sind, ja, wir haben eine Eins gewürfelt. Dieser Kampf wird nicht gut laufen. Der Barmann greift an mit einer Vier für acht Damage auf Lili. Minus zwei, wohlgemerkt. Minus zwei. Das sind, ach ja, sechs Damage. Okay, ich bin langsam auch schon durch. Warte mal, Edna. Äh, Edna. Sechs Damage. Vierzehn Lebenspunkte. Wird aber gehielt von Petra auf 15. Kann ich mir schon mal eintragen. Gut. Dann ist, oh, ich brauch den Stift gar nicht mehr aus der Hand zu legen. Dann ist jetzt Lili dran. Lili macht wieder Giftstich. Drei Damage plus zwei Gift sind fünf. Er ist bei 94, ne? Der Barmann ist bei 94. Äh, Lili macht fünf Damage. Funk macht neun Damage. Sind 14 Damage. Sind gleich 80 Hitpoints für den Barmann. 80 Hitpoints für den Barmann. Äh, wir machen das Kaugummi. Effekt zwei. Effekt zwei. Wirkt mit einer vier. Doch, das war richtig, ne? Eins, zwei, drei war nicht. Vier, fünf, sechs war. Okay. Wirkt mit einer vier. Der Barmann darf nicht angreifen. Wer ist denn jetzt dran? Edna hat angefangen. Dann ist der Barmann. Der Barmann durfte nicht. Jetzt ist wieder. Oh Gott, Alter. Ich komm langsam. Langsam, äh, ja. Jetzt ist Lili dran. Boah, ich bin langsam, langsam bin ich ein bisschen durch. Ich muss, äh, jetzt ist Lili dran. Okay. Lili hat zweimal Giftstich gemacht. Kann nochmal Giftstich machen jetzt. Seid ihr noch da? Du hast Edna ausgelassen nach Funk. Hab ich Edna nicht gez... Oh, nach Funk war Edna dran? Boah, jetzt bin ich aber echt langsam Brain-AfK. Ähm, okay, warte. Dann schiebe ich Edna nochmal schnell zwischen. Edna, zwölf Damage. Ähm, 68 beim Barmann. 68, okay. Gut. Ich bin nämlich langsam ein bisschen durcheinander gekommen. Es war einfacher mit dem Notepad, wo man sich alles aufgeschrieben hat. Dann konnte man genau und lalala und hier muss ich mir das alles merken gerade. Puh, okay. Dann ist jetzt aber trotzdem der Barmann, ne, überspringen war. Jetzt ist dann trotzdem Lili dran wieder. Ähm, und Lili hatte zweimal Giftstich, macht jetzt einen dritten. Drei plus zwei sind fünf, plus zwei sind sieben Damage für den Barmann. Der ist bei 61. Äh, Funk macht wieder neun Schaden. Das gibt 52. Und jetzt ist der Barmann wieder dran und Edna wird noch um einen geheilt. Die ist jetzt bei 16. Die wird noch um einen geheilt. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Petra. Ähm, wir haben leider keine Überspringkarte mehr, ne? Ne, wir haben die Zeitung, hat nicht funktioniert. Den siffigen Becher haben wir geworfen. Kaugmehr hat funktioniert. Jetzt muss der Barmann angreifen. So. Der Barmann ist immer noch bei 52 Punkten. Der greift jetzt Edna an. Mit einem Kippel. Mit einer vier. Eine vier sind acht Damage. Minus zwei vom Hemd sind sechs Damage. Edna hat, ich kann sie gar nicht mehr erkennen, 15, glaube ich, müsste sie jetzt haben. Äh, weiß nicht, wie viel war das jetzt? Acht minus zwei. Das heißt, Edna hat noch neun Punkte. Als nächstes haben wir noch Funk und Lili, die sie sich da vorstellen müssen. Ähm, jetzt kommt wieder Edna dran. Edna macht zwölf Damage. Das bringt uns auf 40, wenn ich das richtig sehe. 40. Äh. Okay, ich schreibe die mal nicht auf, weil langsam wird es, es wird platzmäßig ein bisschen knapp hier. Äh, 40. 40 durch Edna. Dann, Lili macht fünf Schaden. Wir sind gerade bei 40. Fünf Schaden plus zwei, vier, sechs. Das heißt, Lili macht jetzt elf Schaden. 40 minus elf sind 30. 29. 29. Funk macht neun Schaden, der Barmann ist bei 20. Heilige Scheiße, ey. Und, äh, Edna hielt auf zehn Punkte hoch. So. Oi, 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 oi. So, 88 to max. Dankeschön für fünf Gifte Zaps. Dankeschön. Entschuldigung. So. Ah, 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 ah. Das ist, äh, puh. Huch. Jetzt seh ich schon Leute hinter mir. Cool. Ähm. Jetzt ist der Barmann wieder dran. Barmann Elektra. So. Der Barmann hat wieder eine vier. Sechs Damage auf Edna. Edna ist damit bei vier. Und der Barmann ist tot. Wenn ich das richtig sehe. Edna zwölf Punkte. Lilly elf Punkte. Der Barmann ist weg. Das war der Barmann. Wir haben den Barmann geschafft. Wir haben den unfassbaren Barmann geschafft. Puh. Alter, das war aber. Also, ich hoffe, da kommt nix. Also, da stand auch, das ist der Stärkste, oder? Nee. Ist das nicht der Stärkste? Ich dachte, das wäre der Stärkste in der Anstalt. Ich hoffe, das war der Stärkste, weil mehr, also wenn es noch schlimmer wird, dann wird es echt schwierig langsam. Kampf gewonnen. Schlüssel von Barmann erhalten. Okay. Stereo? Na, was hältst du von Hugo? Ich war ein wenig stolz auf ihn. Wobei, naja, wie gesagt, meine Zeichenkunste sind jetzt nicht die besten. Aber, ich fand, er ist recht passend. Klopsi wurde übrigens von Lolli HD gezeichnet. Ich hatte viele Zeichner bei diesem Projekt. Beispielsweise auch Lien oder Lamille Muddy, das Gestrüpp und auch Chessat. Aber noch mehr Sprecher. Das hast du bestimmt schon gehört. Mhm. Beispielsweise Alex Grimm, der in seine Rolle als Harvey der Hase zurückgekehrt ist. Aber auch die gute Syndika, die in ihre Rolle als Lilly beziehungsweise Doris zurückgekehrt ist. Liebe Grüße übrigens von ihr. Dennoch feiere ich auch meine Community Sprecher und vor allem Edna finde ich sehr gelungen. Von daher lobt sie doch mal bitte. Ich würde gerne alle Sprecher erwähnen, die bei diesem Projekt dabei waren. Aber die Liste ist lang und unsere Zeit begrenzt. Achtet bitte auf die Credits. Ja, Credits. Ich freue mich schon auf die Credits. Die werden bestimmt die nächsten vier Stunden einnehmen dann. Da freue ich mich drauf. Boah, Alter. Und vor allem, die haben jetzt nicht einfach zwei, drei Sätze eingesprochen. Die haben echt viel eingesprochen. Die haben richtig, richtig viel eingesprochen. Und das ist Puh. So. Okay, warte. Ich muss mir mal ganz kurz eben. Der Abend ist lang. Mein Kleid ist kurz. Sprecher loben. Ach, ist schon lieb. Ich mag den Chat. Ich sage es viel zu selten, aber ich mag den Chat ja eigentlich doch ganz gerne. So, XP für Barmann habe ich schon heimlich eingetragen gerade. Habe ich mir direkt schon gegeben. So. Mhm. 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 Ah. Das härteste wäre ein untoter Dr. Marcel. Oh nein, bitte nicht. In den letzten Kämpfen hast du Edna nie als Erster angreifen lassen? Doch, doch schon. Ich gucke immer, wer zuerst angreift. Und das ist eigentlich mal Edna, weil die hat ja ihren Stuhl dabei. Alter Schwede. Oh, mein Ohr verabschiedet sich bald, glaube ich. Ai, 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 ai. So. No, you are breathtaking. Aua. So. Und der Chat mag dich auch. Bis zur nächsten exklusiven Demo. So. Ähm. Yum, 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 yum. Gut. Wir haben den Schlüssel für was noch. Boah, ich bin langsam auch ein bisschen durchgepeitscht. Wäscheraum. Edna. Er zögert erst. Lächelt aber dann. Nein. Oh, Lilly. Du bist ja auch da. Äh. Herr Mantel. Du bist ja wieder blütenweiß. Dir habe ich das nicht zu verdanken. Aber was soll's. Vergeben und vergessen. Du hast es ja nicht böse gemeint. Hoffe ich. Ja, wahrscheinlich. Hm. Was machst du eigentlich hier, versteckt zwischen den Wäschesäcken? Dieser Junge, er hat bedroht mich zu bekleckern und anzumalen. Deshalb habe ich mich verzogen. Er scheint wirklich wild zu sein. Weißt du was? Du gibst mir deinen Mantel und ich kümmere mich dafür um Hugo. Nur über meine Leiche. Edna gegen Herr Mantel. Was? Warum? Die haben sich gerade gut verstanden. Userman 7. Nein. Jeder Gegner und jeder der Spieler hat sogenannte, ich sag mal Geschwindigkeitspunkte oder Aktionspunkte, wie auch immer. Ich sag mal Geschwindigkeitspunkte. Anhand dessen legt sich die Reihenfolge fest, wann wer angreift. Edna hat 4. Funk hat 4. Lilly hat 5. Bei Edna kommt auch der Rollstuhl hinzu. Das ist ein Plus 5. Also hat Edna 9. Und der Barmann zum Beispiel hatte 7. Also hat Edna zuerst angegriffen. Dann kam der Barmann. Dann kam die beiden anderen. Dann kam wieder Edna, der Barmann und so. Ja, so. Und wir haben dann irgendwann die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, glaube ich. Ich habe mich dann irgendwann verstolpert, aber ich glaube, es hätte nichts am Ergebnis geändert. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir hatten noch Lilly als Bollwerk und Funk natürlich auch. Beide bringen sagenhafte 14 LP mit. Der Funk bringt genauso viele LP mit wie Lilly. Ich wollte es nur sagen, hat aber nicht ganz so viel Kraft. Gut. Wie setzt sich der Schaden von Edna zusammen? Ähm, Edna hatte, ich weiß nicht, wie viel Originalkraft die hatte, weil der Kugelschreiber schwarz ist. Sie hatte Originalkraft. Wir haben sie ein paar Mal hochgelevelt in der Kraft. und sie hat noch einen Schläger mit plus zwei. Das bringt sie auf zwölf insgesamt. Ich hätte es mir noch alles im Notepad natürlich zurecht geschrieben, aber so muss ich natürlich ein bisschen, äh, hier. Ja. So muss ich mir das hier immer aufschreiben mit Strichlisten und sowas. Ähm. Frank ist einfach ein Monster von einem Mann. Ja. So, ziehe Karte 39. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Uns fehlt Karte 36 noch. Die müssen wir noch irgendwo finden. Karte 39. Wen haben wir denn? Achso, wir wissen ja, wen wir da haben. Herr Mantel. Ernsthaft? Herr Mantel hat nicht mal Muskel an den Armen. Weißt du, beim Barmann verstehe ich das. Beim Barmann 130 LP, okay. Aber ganz ehrlich, Herr Mantel hat 160 LP? Hast du dir, Herr Mantel, mal angeguckt? Das ist ein alter, grauhaariger Greis mit Spaghetti-Armen und Hühnerbrust. 160 LP? Der macht 8 Damage auf Stärke. Der macht 12 Damage auf Intellekt. Herr Mantel, der in einem Regenschirm wohnt. Hat einen Intellekt von 12. So, das ist, was? Schirmblock. Seine Special-Attacke sind minus 4 Schaden je Angriff für 3 Runden. Auf alle Angriffe minus 4 Schaden für 3 Runden? Ist das der Boss-Mob? Das muss doch der Boss-Mob sein. Stereo will einfach, dass du verlierst. Ich glaube auch. Er verbringt seine Zeit in den Schächten der Anstalt. Früher wurde er Herr Toga genannt. Oh Gott. Seine größten Feinde sind Motten. Aber wie soll ich den, ganz ehrlich, bei aller Liebe, den zu besiegen? Also das ist jetzt aber Willkür. Also da ist jetzt, da muss ich jetzt, da ist jetzt aber wieder die Zeit gekommen. 160 LP. Herr Mantel. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Okay. Herr Mantel stolpert und verliert aus Versehen 100 LP, weil er sich den Schirmstab in die Brust rammt. Das heißt, Herr Mantel hat jetzt 60 LP? Gut. Ich weiß nicht genau, wo der die 160 LP her hat. Aber bitteschön. Scheiße. Stereo sagt, finde ich gut. Alles klar. So machen wir es. Herr Mantel hat 60 LP. Fug. Wir können nicht leveln, ne? Ne, wir haben nur wieder ein XP gesammelt, letzte Runde. Grund, der Sargnag der Regenschirmindustrie. Okay, ja gut, ähm, wir werden diese Runde verlieren. Ähm, Edna, zwölf Lebenspunkte. Boah. Edna macht, Edna zieht zwölf Lebenspunkte ab. Lilly zieht drei Lebenspunkte ab. Es sind 15. Ich versuch's ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, das ist Mantel. Hier hab ich die Seite angeschnitten. 15 Lebenspunkte werden abgezogen. 145. Und es ist immer noch mehr. Es ist immer noch 15 mehr. Ja, als der Barkeeper. Mit den Muskeln. So. Gut. Ähm, ich musste mich einfach empören gerade. Jetzt werfe ich ein Glas nach ihm. Ist das Einzige, was ich machen kann. Daraufhin setzt er aus. Dann kommt Funk. Funk neun Punkte. Edna zwölf Punkte. Äh, 21. Plus Lilly. 21. Plus Dreisen 24. 25, 26 für Gift. 26 Punkte abziehen. Sind 120. 139 Punkte. Und damit hat er immer noch mehr. Als der Barmann. Ja. Ah ja, war ein Becher. War kein Glas. Es war ein Becher. Entschuldigung. Sieht halt aus wie ein Glas. Er hat immer noch mehr Punkte als der Barmann. Hä? Die Minus 4 sind einberechnet. Nein. Die Minus 4 gibt es erst, wenn er zuschlägt. Wenn er einen Special Move macht. Aber er hat noch gar nicht zugeschlagen. Herr Mantel kam noch gar nicht zum Schuss. So. Jetzt kommt die Zeitung, die Bleed-Zeitung. Oh, falscher Würfel. Die Bleed-Zeitung. 1 bis 3. Nein. 4, 5, 6. Ja. Eine 6. Da ist die 6. Eine 6. Das heißt, er fällt aus. Gut. Kann ich mir die 3 zusammenrechnen, damit es einfacher wird? Damit wir ein bisschen besser durchkommen. Edna 12. Lilly inzwischen. Oh ne, kann ich noch nicht zusammenrechnen für die nächsten Runden. Lilly, warte mal. 112. Was? Hat mir, warte mal. 145 minus 920. Oh, ich bin verwirrt. Was? 145 minus 920 sind 119? Das kann ja schon mal nicht stimmen. Das kann ja schon mal nicht stimmen wegen der 9. Oder? 145 minus 920? 145 minus 920? Holt mal ganz kurz euer Windows-Kalkulator raus. Habe ich das richtig? Auf 139 runter? Das sind 116. Hatten wir 29? Ne. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss das jetzt mal... 116? Dann habe ich aber irgendwas falsch gerechnet, ne? Wir hatten, warte mal. Wir hatten Lilly mit 12. Funk mit 9. Das sind schon mal 21. 21 plus 3 sind 24 plus 2, 25, 26. 145 minus 26 müsste es gewesen sein. 145 minus 26, nicht 29. 145 minus 26 sind 119, nicht 139. 119? Ohu, nicht 139. Oh, da habe ich aber empfindlich verrechnet. 119. Oh, gut, dass ich euch habe. Ähm, gut, das war die letzte Runde. Oh, okay. Das beruhigt mich aber auch nur marginal. Okay, pass auf. Jetzt sind wir gerade bei 119. Äh, 12 plus Funk sind 21. 21 plus 3 sind wieder 24. 25, 26, 27. Jetzt kommen 28. 119 minus 28. 119 minus 28, bitte. 119 minus 28, 119 minus 28. Ich nutze euch einfach mal für Kopfrechen. 119 minus 28 sind 91. Vielen Dank. Ihr könnt ruhig lügen und sagen, dass es 30 sind. Ich wäre da nicht böse. So. Okay. Was verlangt der Mann von uns? Was fragst du mich? So. Ich mache nichts lieber, als nachts zu rechnen. Ich bin froh, dass ihr das gerade macht. Gut. Wir setzen ein Kaugummi ein. Jetzt wäre Herr Mandl wieder dran. Wir setzen ein Kaugummi ein. 1, 2, 3, ja. 4, 5, 6. Nee. 1, 2, 3, nein. Kippel. An der Maus. Ich muss die Maus wegräumen. 1, 5, die sieht so aus. So. Gut. Kaugummi ist sehr erfolgreich. Herr Mandl darf immer noch nicht. Wir schaffen das nicht, oder? Oh Gott. Okay. Gut. Gut, gut. Der Mantl hat noch nicht einmal angegriffen. Äh. Jetzt. Edna. 12. Plus Funk 21. Lilly hat schon alle drei Giftstiche gemacht. 21. Plus 6 sind 27. Plus 6 sind 33. 91 minus 33. 91 minus 33. 58. 58. 58. Okay. Wir müssen zwei Runden noch überstehen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ich schreibe mir schon mal hin. 33 schreibe ich mir schon mal irgendwo. Wo kann ich mir denn 33 mal hinschreiben? Als Maximalding. 33. Äh. Puh. Ich schreibe mir mal hier oben die Ecke. 33. In dieser Konstellation ist maximales HP. Oh, bei Funk habe ich das Feuer vergessen? Nee. Nee, bei Funk habe ich das Feuer mit einberechnet. 9. Der Intelligenz 7 plus Feuer 2 gleich 9. Das habe ich mit einberechnet. Okay. Gut. Lilly habe ich auch mit einberechnet. Plus 1. Edna hat den Hammer sowieso mit einberechnet. Glaube ich. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt inzwischen überhaupt nicht mehr sicher. Ich glaube aber schon. Okay, gut. Gut. 33 maximal Move. Jetzt ist Herr Mantel dran. Herr Mantel ist dran. Bitte keine 5. Weil ganz ehrlich, wenn der Mantel eine 5 wirft und diese minus 4 Schaden je Angriff für 3 Runden heißt je Angriff für alle, weil Herr Mantel greift ja nur eine Person an. Der greift ja Edna zum Beispiel an. Das heißt, Edna hat einen minus 4 Schaden für 3 Runden. und ich kann mir das alles nicht merken. Sirio, mein Gehirn. Wie? Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. So. Herr Mantel greift an. Mit einer 2. Ja. Ja. Oh. Hier. Da. Warte. Ich halte das so. Kann man das sehen? Nee. Warte hier. Ich hoffe, ihr seht das. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist eine 2. Er greift mit einer 2 an. Oh. Okay. Ich darf nicht so heftig ausatmen. Edna fliegt weg. 58 minus 33 gleich 25. So. Herr Mantel greift wieder an. Na gut. Aber ich bin ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied mehr. Herr Mantel greift an. Mit einer 5. Herr Mantel zieht direkt den Special Move raus. Minus 4 Schaden je Angriff für 3 Runden für Edna. Die verliert keine HP. Aber sie macht minus 4 Schaden. Das heißt, wir machen nur noch 29 Schaden in dieser Runde. Und Herr Mantel hat 25 Hitpoints. Herr Mantel geht down. Und er hat uns nicht einen Hitpoint abgezogen. Er hat uns nicht einmal wirklich getroffen. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich... Ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist der erste Kampf, den wir wirklich unbedingt verlieren. So. Je Angriff heißt für mich alle seine Gegner... Nein, nein. Herr Mantel greift einen Gegner an. Der greift einen Gegner an. So. Er hat doch noch 100. Gut. Kampf gewonnen. Ziel Karte 40. Oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt Herr Mantels kleiner Sohn. Der hat nämlich 2000. So. Ähm. Karte 40. Was kommt jetzt? Kann ich jetzt 1 HP mehr Schaden machen? Oh nein. Ich habe... Ich habe den Mantel als Rüstung. Der wird wieder nicht scharf, ne? Brauche ich gar nicht groß schalten. Der wird wieder nicht scharf. Es ist ein Mantel. Der sieht aus wie ein Mantel. Und der Mantel... Rüstung. Dick und robust erhöht er deine Verteidigung um 3 Punkte. Statt den 2, die wir jetzt haben. Ähm. Herr Mantels alter Mantel. Ob er nun Herr Nundist wird? So. Aber... Den Mantel kann ich nicht ein... Äh? Warte mal, das war Karte 40, ne? Ah, da ist der Umschlag. Ich habe den Umschlag vergessen. So. Den Umschlag habe ich vergessen gerade. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz... So. Okay. Ähm. Herr Mantels alter Mantel. Es ist eine Manteline. Mantarine. Nein. Jetzt. Okay. Ähm. So. Okay. Hilfe. So. Gut. Sehr gut. So. Rückblickend betrachtet. Es fangt mit dem Vorzeug eine wahre Massenvernichtungswahl. Ach schön. So. Ich ziehe Edna den Mantel an. Weil Edna ja immer alles einsteckt. Äh. Ich dachte die ganze Zeit erst Hermann Tell. Oh. 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 Und Tell. Oh. Stimmt. Das kann man auch denken. Hermantel. Hermantel. So. Warte. Aber werde ich nicht anders betont? So. Warte. 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 So. Edna zieht den Mantel an. Hat ab sofort eine Defense von drei. Ähm. Dann. Zieht. Lilly. Lilly zieht das alte Funk-Shirt an. Das der Funk aber nicht an hat. Oder weißt du? Ne. Der Funk zieht das an. Ich geb's einfach dem Funk. Die Lilly behält die Insassenkleidung. So machen wir das. Der Funk kriegt sein Funk-Shirt. So. Warte. 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 Äh. Wo ist denn hier? Jetzt. Ah. Jetzt haben wir's. Da haben wir das Funk-Shirt für den Funk. So. Okay. Gut. Funk hat endlich mal ein T-Shirt an. Ich weiß. Viele Frauen sind jetzt wahrscheinlich sehr enttäuscht darüber. Sind sehr enttäuscht darüber, dass Funk sich jetzt ein T-Shirt angezogen hat. Aber es ging einfach nicht anders. Haben wir noch ne Waffe für den Funk? Ne. Wir haben keine Waffe weitergefunden. So. Das ist der Mantel. Wir haben sonst keine Waffe. Der Funk kämpft einmal mit bloßen Händen und Feuerzeug. Also er kämpft ja mit seinem Intellekt. Nicht mit bloßen Händen. So. Okay. Ähm. Gut. Zielkarte 40 haben wir. Und jetzt können wir uns hier umgucken, oder? Das kann ich gut gebrauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Die Mod-Gläser gehen auch langsam zur Neige. So. Äh. 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 Ich zieh das noch durch hier. Natürlich. Wir haben noch vier Stunden. Da müssen wir es schaffen. Danach wird's knapp. So. Guck mal hier. Ach. Guck mal hier. Da haben ja auch schon alle drauf gewartet. So. Guck mal, wer hier sein Gläserlein hat. Ich glaube, der schläft aber schon, oder? Ich glaube fast, er schläft schon. Den Julien. Mina, es tut mir sehr leid. Bitte lasst uns nicht darüber reden. Aber ich habe keine andere Wahl. Aus Platzgründen habe ich leider keine andere Wahl. Wir wollen das bitte verschweigen. So. Okay. Ah. Mod Class 12. Gut. Die Mina. Nein, tu es nicht. Es tut mir leid, Mina. Aus Platzgründen. Ich muss doch, ich muss doch hier. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl. Ich kann da nichts entdecken. Hä? Aber Mina, Mina schaute nach und sagte. Ich kann da nichts entdecken. Also insofern kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. So. Da ist nichts. Ja. Das bestätigt es ja nochmal. Was ist denn das hier? Wäsche? Da ist doch was. Da ist nichts. Da ist was im Korb. Ich sehe das doch. Ich kann da nichts entdecken. Da musst du noch. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Okay. Gut. Ähm. Hier haben wir mal nichts bekommen, mit dem wir weiterkommen. Hier haben wir jetzt. Oh, fast alles gemacht. Wir haben das hier noch nicht gemacht. Okay. Ich muss aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen und jeden Tag uploaden. Ähm. Entschuldige? Es macht alles keinen Sinn. Keinen Sinn. Es gibt über zehn Teile Grim Tales. Über tausend Parts Minecraft. Glaubst du, sie ist nicht bei Funk? Keinen Sinn. Tobi steckt im Flur fest. Und trotzdem ist Grobi realer denn je. Ähm. Kohle, 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 Kohle. Der reagiert nicht. Scheint der Bekloppteste von allen zu sein. Oh, schön. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Boah. Ich darf nicht so viel lachen. Mir ist so warm. Oh, ist das so warm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, schön, schön, schön. Okay. Gut. Wie gut ist denn das getroffen? Aber bitte. Hä? Wer hat denn das gemalt? Wer hat denn das gemalt? Frage ich mich. Das ist, äh, also, abgesehen davon natürlich, dass es sehr real ist. Schuh? Ah, ach so, ziehe Karten. Also. Schön. Ich wollte gerade auf die Schlappen klicken. Ich dachte, wir finden ja auch was im Bild. Ziehe Karte 36. Das ist die ominöse Karte 36. Mh. Mh. Ah, schön. Ich verlese es ganz kurz. Hier die Karte, ne? Das Bild ist das gleiche. Hier. Jetzt auch wieder sehr unscharf. Ich verstehe, warum. Äh, ja. Das funktioniert wieder gar nicht. Ähm. Aber, pass auf. Weniger als Mann als eine Maschine hat der inzwischen über 11.600 Videos hochgelassen. Hab ich wirklich? Okay. Okay. Gut. Cool. Das, äh, gemalt. Das ist doch ein Foto. Schön. Der gehört hier hin. Immer diese zwanghaften Workaholics. Schön. Ist, ich kann ihn aber nicht an die Party aufnehmen, ne? Ich kann mich nur beiseite legen. Also diesen, den, den ich nicht kenne. Ich, der hat ja einen großen Bauch. Ich kann, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Es muss eine fiktive Figur sein. Mehr kann ich mir da nicht erklären. Wieso? Wieso hab ich da vorher, ich dachte halt, da kommt wieder so ein krasser Gegner. Deswegen hab ich nicht draufgeklickt. Und wir sind ja automatisch dann weggegangen vom Barmann und sowas. Schön. Gut. Ja, dann, äh, ja. Das, äh, ja. Sehr schön. Karte 36 vorlesen lassen. Warte. Wir hatten ja ein bisschen zurückgespult. Sicher welcher? Regen. Regenmann? Regenmann. Ach, das war der. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Aus dem Comic. HW. Hast du etwa den Comic nicht gelesen? Regentechnik? Technik 2. Schwerer Regen. Ein Regentanz? Ob das denn ergibt? Und Kloppsi? Kloppsi. Vollkommen verrückt. Nach Funk. Das ist wohl wahr. T-Shirt. T-Shirt. Ohne diesen Punk... Funk? Was auch immer. Sieht es viel besser aus. Los, HW. Lass es uns vollkritzeln. Ohne Funk sieht es viel besser aus. Na das, lass mal Kloppsi hören. So, Stiesel. Stiesel. Er ist wie sein Minigolfschläger. Ein echter Stiesel. Oh. Ein echter Stiesel. Deswegen stand es da zweimal, weil der Havi das nochmal sagt. Der Barmann. Barmann. Greift er dich an oder mich? Ich kann es echt nicht sagen. Sein Blick scheint den Raum zu krümmen. Hat er auch... Ja. Wie man sieht. Gronkh. Der gehört hierher. Immer diese zwanghaften Workaholics. Ich wäre so gern da drin. Oh, Kaugummi hatten wir auch schon. Kaugummi. Schmeckt scheußlich. Aber ich möchte mich nicht spoilern. Deswegen will ich da nicht zu viel nach vorne machen. Ach, hier ist ja auch noch was. Huch. Wer bist du denn? Man nennt mich Rufus. Da 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 da. Man nennt mich Rufus. Da 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 da. Rufus? Ich bin Edna. Was treibst du hier? Ich sammle Sachen. Du weißt schon, die so rumliegen. Oder in fremden Taschen stecken. Oder mir einfach gefallen. Hast du nicht zufällig einen Stromumkehrer dabei? Nein, tut mir leid. Aber das klingt cool. Ich bin da ganz ähnlich. Doch wofür machst du das? Na, wozu wohl? Ich tue halt, was ein echter Held so macht. Die hübsche Jungfrau retten. Dem Gorilla auf die Glocke hauen. Sich die Taschen vollstopfen. Habe ich die Frauen schon erwähnt? Warte. Held? Hey! Das ist mein Job, kapiert? Verziehe dich und such dir dein eigenes Abenteuer. Aber... Zielkarte 49? War das... Das ist aber nicht der Originalsprecher, oder? Aber das war schon... War echt gut. Oh. Ich muss was essen. Mein Bauch macht Geräusche. Die, äh... War das der Originalsprecher? War... Ja? Doch, das war Monty. Ach krass. Ernsthaft? Ich habe zuerst überlegt, ob der vielleicht aus dem Spiel gerippt ist. Und dann dachte ich so, hä? Und dann, ach, das klingt ja auch so gut. Hä? Ernsthaft? Krass. Okay. Ja, ich war so verunsichert gerade. Siri, du bist doch einfach nur bekloppt. Was soll ich denn dazu... Was soll ich denn noch... Was soll ich denn dazu noch sagen? Das ist so... Es ist einfach... Es ist einfach... So. Okay. Der Held von die Ponier. Ähm... Ich schalte wieder rüber. Ich weiß... Bitte macht die Karte doch mal scharf. Och, Kamera. Och, Kamera. Kamera. Diese Perücke wird immer schöner. Und der Mann darunter natürlich auch. Ähm... Och, diese Kamera, ne? Ich... Demnächst... Ich mache da einfach Nokia hin. So. Der Held von die Ponier. Bekannt für seinen liebevollen Umgang gegenüber Mitmenschen und Tieren. Ach... Und Karte 49 kann man auch vorlesen lassen. Ich will nicht spoilern. Lalalalalalalala. Äh, 49 gibt's gar nicht. Karte 49 gibt's hier gar nicht. Alles klar. Aha. So. Leider keine Karte 49. Schade. Schade, schade Schokolade. Ähm... Er schmilzt. Habe ich jetzt alles durchgesucht? Hey, was ist das denn? Ja. Gut. Mottglas. Warte, 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 warte. Okay, Mottglas 13. Wir haben nur noch zwei Mottgläser. Und ein Geschenk ist noch drin. So. Äh, okay. Buh, mir ist... Habe ich schon erwähnt, dass mir warm ist? Nee, ne? So. Huch. So. Der Mann der Kabelordnung. Der Mann der Kabelordnung. Hallo? Ihr wisst, wer gemeint ist. Ihr wisst, wer gemeint ist. Wer mag keine unordentlichen Karten? Die Karte 49 gibt's aber in der Notlösung. Aber wenn ich... Ach so. Aber ich dachte, ach so, Notlösung? Dachte ich, ist eine Komplettlösung, wenn Not am Mann ist. Guck mal hier. Der Dryteak. Dryteak, was machen wir denn mit dir? Wir stecken dich einfach mal in den Julien. So. Da passt er auch sehr gut rein. Ein Schelm, der Döses dabei bängt. So. Da ist nichts. Ich guck mal hier nochmal. Auf dem Tisch. Die Bilder hier hatte ich alle schon, ne? Ich kann da nichts entdecken. Die hatten wir alle schon. Ich versuche trotzdem noch, hier auf dem Kloboden irgendwo... Da ist nichts. Im Spülkasten auch gar nicht. Hier hatten wir auch alles durchsucht, ne? Ich hab Angst, dass ich was übersehen habe. Da ist nichts. Aber ich will halt auch nicht... Jeden Stein hier ist schwierig. Aber man weiß ja nie. Tür. Ich hab wirklich Angst, dass ich irgendwas übersehen habe. Oder hier auf den Knopf drücken. So. Achso, ich muss, glaube ich... Ja, wechseln. Alles klar, wechseln. Alles klar. Ähm... Hier, beim Tisch hatten wir schon, da ist nichts mehr. Unter den Kissen... Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Warte. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Man weiß ja nie. Ich kann da nichts entdecken. Das mit der Seife hat mir zu denken gegeben. Okay. Da ist nichts. Oder vielleicht hier unter dem Bett. Ich kann da nichts entdecken. Ich probiere es trotzdem mal. Da ist nichts. Okay, warte. Ich will nichts übersehen. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Ich bin ganz ehrlich beim Durchscrollen, nämlich gerade zur Karte. Habe ich was gesehen? Das hat mich stutzig gemacht. Etwas, das wir nicht gefunden haben, aber eigentlich sehr gut brauchen können. Ja. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht... Hello. Ich weiß nicht, wo ich das hätte übersehen können. Weil ich habe wirklich alles angeklickt eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles angeklickt habe. Sofakissen auch, ja. Teppich. Da ist nichts. Hm. Hier habe ich sogar die Regale, alles in den Regalen unter den Tischen. Nicht. Und die Verstecke sollen ja teilweise auch sehr gemein sein. Sind sie ja auch, wie wir festgestellt haben. Hinter der Tür, hinter der Klotür, nein. Hier waren wir schon. Haben wir schon gemacht alles. Ja, da haben wir schon was gefunden. Hier haben wir auch schon Sachen gefunden. Ich glaube, wir haben sonst alles angeklickt, oder? Die einzelnen Billardkugeln. Die einzelnen Billardkugeln, ich glaube, das bringt nichts, oder? Da ist nichts. Wer weiß. Ich kann da nichts entdecken. Wer weiß. Da ist nichts. Wer weiß. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Okay, gut. Wir gehen erstmal wieder hoch. Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Hier haben wir aber alles angeklickt. So, hier. Und dann geht es ja noch einmal hier. Hier haben wir halt noch gar nichts. Teppich, Teppich, Bücher. Ich kann da nichts entdecken. So. Ich kann da nichts entdecken. Okay, Fenster. Nichts. Hier noch egal. Das kann ich gut gebrauchen. Das letzte Glas. Danach kommt noch ein Becher. So. Okay. So. Ah. Das haben wir uns alle schon gefragt. Natürlich. Guck mal. Die Elphi. Da ist die Elphi. Schön. La, 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 la. Die Elphi. Die Elphi. Problem ist, die Elphi kann ich nirgends. Ich kann die Elphi vielleicht noch in die Sarah. Aber langsam wird das hier gefährlich. Das geht. Wir haben hier gerade. Ja. Das sieht. Das Beste kommt zum Schluss. Ach, schön. Schön. Ach ja. So. Modglas 15. Wir wollen ja mal nicht wertend werden hier. So. Ich kann da nichts entdecken. Hier muss noch ein Gehirn im Glas sein. Nee. Ich kann da nichts entdecken. Auch nichts. Das ist ein Teppich hier. Was ist das denn? Ich kann da nichts entdecken. Okay. Hier ist der Schreibtisch. Und hier geht es noch. Ich habe das Gefühl, wenn wir da reingehen, gibt es kein Zurück mehr. Nein. Dann gehen wir doch nicht rein. Was haben wir denn hier? Hitpoints 5370. Sieh an. Sie ist wieder da. Das. Mausfreien Stücken. Das Gehirn. Ja. Wie war doch gleich dein Name? Bilbo? Bobo, das Gehirn. Und wenn du deins öfters nutzen würdest, würdest du ihn vielleicht nicht vergessen. Bobo, genau das war's. Wie geht's dir, alter Kumpel? Kumpel, du siehst mich als dein Freund an. Nun, mir geht's gut. Aber ich langweile mich hier allein in dieser Kammer. Du warst mein einziger Besucher in den letzten Jahren. Klingt, als wärst du sehr einsam hier drin. Einsamkeit, ein Gefühl für Menschen. Ich bin ein Gehirn. Ich denke und fühle nicht. In diesem Moment klopfte Edna gegen seine Scheibe. Au. Na, spürst du das? Lass das. Also fühlst du doch noch Dinge. Ich fühle mich in deiner Gegenwart, in meiner Existenz gefährdet. Sag mal, Bobo, vermisst du es nicht, zu fühlen? Ich vermisse den Sonnenschein auf meiner Haut, den Wind im Gesicht, die freie Natur. Hier gibt es nur leere Kartons, Spinnen und eine hässliche alte Alfpuppe. Ha ha, ich lach mich tot. Edna, wie war's da draußen? Es war super. Ich konnte hingehen, wo ich wollte, tun, was ich wollte, erleben, was ich wollte. Und nun bist du wieder gefangen. Es ist eine Art Rettungsmission. Du riskierst deine Freiheit für die Rettung anderer? Dann lass mich dir helfen. Sei für uns beide frei, Edna. Und falls nicht, komm doch mal wieder vorbei. Danke, Bobo. Was übrigens immer noch wenige wissen, das Gehirn im Glas, also Bobo, wurde im Original gesprochen von Carsten Fichtelmann, dem Chef von Dedalick. Das war also der oberste, der Carsten. Der hat damals das Gehirn im Glas gesprochen. So, Zielkarte 41. Ach. Eine Infokarte. Mit dem Gehirn im Glas. Und da drauf steht, Bobo wurde im Original von Carsten Fichtelmann gesprochen. Er steht noch immer neben der Alfpuppe, also Carsten. So, ein sprechendes Gehirn. Irre. So, schön. Äh, Entschuldigung, Stereo, ich wollte dir das Spiel jetzt nicht vorwegnehmen. Das tut mir leid. Ich wollte nicht spoilern. So, oh Gott, die Haare fallen mir aus. Äh. So, ähm, 42 nehmen wir auch noch die Karte. Superschlag. 7kp vereint die Werte Kraft und Intelligenz und multipliziert den Schaden mal zwei. Shit. Muss Edna machen, ne? Superschlag. Kann sie einmal anwenden. Lilly hätte zusammengerechnet acht. Aber Edna hat alleine durch die Kraft zwölf. Plus drei Intelligenz sind 15. Und sie würde 30 Schaden mit einem Schlag machen. 30 Schaden mit einem Schlag. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Das können wir mitnehmen. Endboss incoming. Ich glaube auch. Ich glaube, der Endboss kommt. Und was ist hier? Kann ich da nicht rein? Was ist das für ein Kartentyp? Das ist in Technik. Ich kann die, ich kann die halt anwenden, solange ich, äh, genug Kraftpunkte habe. Ähm. Kraftpunkte. Konzentrationpunkte. Es ist noch Soße da. Schon wieder. Hört auf zu übertreiben. Marker aufs Krona. Vielen Dank. Was, was, was? Äh. Ich will die Arbeit fertig machen und zum Bahnhof gehen und auch arbeiten. Vielen Dank, Marker aufs Krona. Und vielen Dank für vorhin und vielen Dank für immer. Und ihr wisst ja Bescheid. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ich verstöre nicht in diesem Outfit. Aber ich fühle mich darin jetzt wohl. Das ist mein neues Ich. Hi. Ähm. Lilly hat 15 Intelligenz. Lilly hat 4 Intelligenz. Lilly hat, äh, Lilly hat 15 Konzentrationspunkte. Aber, ähm, sie könnte das zweimal machen oder aber dreimal den Giftstich. Das ist die Frage. Der Funk hat 3 Kraft und 7 Intelligenz. Das wären 10. Das wären doppelte Damage, wäre 20. Also ist schon sinnvoll, wenn Edna das hat. Und Edna hat noch gar keine Technik. Lilly bleibt mal beim Giftstich, weil den kann sich halt dreimal einsetzen. Ich glaube, das ist schon ganz gut. So. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Okay, ich muss, muss ich fragen? Da ist nichts. Wie komme ich jetzt hier rein? Weil da kann ich gar nicht klicken. Komme ich überhaupt da rein? Hier ist so ein großer Raum, aber ich kann da nichts machen. Dr. Marcel ist ja eh död. Kommt man denn da rein? Weil ich will hier ehrlich gesagt, hier, wenn ich hier reingehe, ist, äh, ohne Wiederkehr. Hier ist Endboss. Wahrscheinlich. Naja, gegen ihn müssen wir er kämpfen. Da ist ein Spiegel. Hm. 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 Erst nach der eigenen Zelle. Das hier ist unsere Zelle. Okay. Achso, ja, wechseln. Ähm, das hier ist unsere Zelle, nehme ich an. Äh, im Keller, im Keller waren wir ja schon. Im Keller waren wir doch schon. Ne? Und da gibt's sonst nix. Aber es gab noch eine andere Treppe. Ich weiß aber nicht, wo wir da hinkommen. Diese hier. Ich möchte nicht in den Keller. Ach, das ist das Ding. Da waren wir schon drin. Und hier in den Keller kommen wir aber nicht. Okay. Gut. Also. Müssen wir hier rein. Wir haben aber noch ein Geschenk. Von Dedalick. Und wir haben noch ein. Oh, wir haben noch zwei Geschenke. Oh. Da hinten. Wie ist das denn da hinten? Ne, das ist ein leeres Papier. Alles klar. Ne, wir haben ein Geschenk. Alles gut. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Alles gut. Ähm. Und, 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 und. Es gibt aber noch einen Modbecher. Aber ich weiß halt überhaupt nicht, wo der jetzt noch freigeschaltet wird. Vielleicht in diesem Raum. Ich, ich geh mal. Soll ich, 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 ich klicke mal hier. Da ist unsere Reise auch schon fast wieder vorbei. Aus dem Grund wollte ich noch einmal Danke sagen. Nein. Danke an jeden, der sich an diesem Mod beteiligt hat. Danke an Dedalick für dieses coole Projekt. Vielen Dank an Poki für die tolle Spielewelt. An den Chat für die Geduld. Und natürlich an dich, Erik. Vielen Dank fürs Spielen. Hä? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn du nichts dagegen hast, kann ich mich ja vielleicht nochmal an was anderes setzen. Ich weiß, ein Fallout-Paket steht noch aus, aber du hast ja auch so viele Pakete bekommen und immer so viel zu tun. Ich will mich da nicht aufdringen. Die Entscheidung überlasse ich dir. Von daher, liebe Grüße, euer Stereo. Ich glaube, der Chat hat das vorhin schon entschieden. Ich glaube, wir haben da schon, ich glaube, wir haben da schon, ne, da machen wir mal und so. Man will nicht, dass es vorbei ist. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen froh, wenn ich hier wieder raus bin. Da bin ich froh. Boah, das ist ja immer so jämmerlich warm. Der Becher ist im Außenbereich und fies versteckt. Okay, ich gehe nochmal schnell in den Außenbereich. Lieber Stereo, danke fürs Spoilern. Ich gehe nochmal schnell in den Außenbereich. Lalu, lalu, niemand wird mich aufhalten. Lalalala. Außenbereich. Fies versteckter Becher. Wo kann denn der sein? Achso, der Kühlschrank wieder angeht. Manchmal knackt das Mikrofon, wenn der Kühlschrank angeht. Fies versteckt. Da ist nichts. Kamera hatten wir, Parkplatzschild. Da ist nichts. Die Steine oben haben wir schon tausend mal gemacht oder muss ich alle Steine hier entklicken? Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. An der Igelnase. Nein. Hier. Da. Dort. Hier. Da. Die Büsche haben wir alle? Da ist nichts. Die Büsche haben wir ja alle. Ich kann da nichts entdecken. So, die Büsche haben wir alle schon angeklickt. Vor dem Igel. Hinter dem Igel. Unter dem Igel. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Sieh nur, Harvey, da ist Lilly. Oh, super. Ja, Lilly haben wir schon. Sieh nur, Harvey, da ist Lilly. Ja, Lilly haben wir schon. Stacheldraht habe ich auch drauf geklickt. Da war aber auch nichts. Und hier in dem ganzen Ding ist auch nichts. Draußen auf dem Weg. Nö. Da ist nichts. Nö. Hier haben wir rasch schon reingeklickt. Ich kann da nichts entdecken. In der Pfütze haben wir was gefunden. Ich erinnere mich, auf der Treppe. Nein. Hier, Kofferraum. Nein. Hat man schon. Auto generell. Nein. Hier irgendwo. Nein. Alter. Alter. Oh. Nicht so erschöcken. Nutella, danke schön. Ganz, ganz lieben Dank. Und guten Morgen. Und übertreib dich immer so. Übertreib dich immer so. So. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So. Und ein Wunderschön. Oh, ich habe mich gerade voller Schocken. Oh, ich war gerade so konzentriert. Das ist eine Mülltonne. Ich kann da nichts entdecken. Da ist nichts. Ich dachte, das wäre eine Kamera gerade gewesen. So. Du sollst nicht so übertreiben. Mach das nicht. So. Oh, ich bin echt schon slightly durch. Wo soll das Ding denn sein? Bist du sicher, dass hier noch was ist? Weil. Ich weiß nicht, was ich noch anklicken soll. Wir haben schon alles. Hinter dem Pausenzeichen. Die Fenster habe ich alle schon durch? Alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so fertig. Auf dem Weg das gelbe Sandkorn. Was? Prost. Stereo. Es gibt aber keine logischen Arztpunkte. Es ist einfach irgendwo. Geh mal die Bäume durch. Wenn nicht, hätte ich noch eine Idee. Er weiß es also auch selber nicht. Ich kann da nichts entdecken. Gut. Da ist nichts. Also die Büsche hatten wir alle schon. Ich kann da nichts entdecken. Okay. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Also ich bin sicher, ich habe hier draußen echt schon alles angekriegt. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Niemand kann sich merken, welche Mordgläser wir hatten. Niemand. Niemand kann sich das merken. Am Stamm? Nee, glaube ich nicht. Also gut. Linkste Baum. Hier ist Lilly. Hier ist... Da ist nichts. Da ist auch nichts. Wir haben die Büsche auch schon alle angeklickt. Den Igel haben wir 30 Mal schon mal trittiert mit einem Mauspfeil. Der kann schon gar nicht mehr. Ich kann da nichts entdecken. Ich kann da nichts entdecken. Das kleine Blatt beim Baum haben wir auch schon gemacht. Ich habe alles angeklickt. Alles, was grün ist, habe ich angeklickt. Ich habe alles... Du suchst gerade Mordglas 4 und es muss entweder draußen oder am Erdgeschoss sein. Mordglas 4, ja. Draußen oder Erdgeschoss, sagst du? Aber ich habe mich auch alles angeklickt. Jeden Stuhl. Hier... Ich kann da nichts entdecken. Hier... Da ist nichts. Hier... Ich kann da nichts entdecken. Die Stühle habe ich auch... Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Das Ding, da haben wir was gefunden. Teppich, Wand... Hilfe. Da ist nichts. Ich darf das sonst nicht auspacken. Da ist nichts. Hier habe ich schon was gefunden. Ich kann da nichts entdecken. Hier, hier... Da ist nichts. Hier... Da ist nichts. Hier... Da ist nichts. Alter... Da ist nichts. Die Küchenschränke haben wir schon alle durch, Stereo. Da ist nichts. Die haben wir... Oder vielleicht hier oben ist das Fenster oder Küchenschränke. Da ist nichts. Ich kann da nichts entdecken. Hier unter dem Tisch. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, und sonst so? Da ist nichts. Warte. Ich kann da nichts entdecken. Hat das jemand geklaut? Da ist nichts. Waschbecken hatten wir auch. Hier. Da ist nichts. Man muss aber sagen, damit ist es jetzt sehr nah am Originalspiegel, wenn ich mich recht entsinne. Ganz ehrlich, ich kann da nichts entdecken. Dann draußen die Bäume links oben am Stamm. Dann draußen die Bäume links oben am Stamm. Aber haben wir noch schon. Oh, was haben wir denn da? Da habe ich auch schon tausend Mal. Ich habe hier unten geklickt. Ich habe hier geklickt. Ich habe da geklickt. Ich habe hier oben. Aber es muss natürlich hier in dieser. Ich möchte nicht sagen, in diesem zärtlich auseinander gebetteten Schenkeln. Baumschenkeln. So. Es ist das letzte Modglas. Und sagen wir mal, es ist ja wohl das allerletzte. Ach, das ist ja schön. Das ist ja wohl das allerletzte. Oh, ich muss erst mal hier. Okay, das oben kann man lesen. Ich würde, dass man das unten lesen kann. Da steht nämlich Stiri Dürbs. Stiri Dürbs. Astgabel ist das Wort, das du suchst. Nein, das ist nicht das Wort, das sich sucht. So. Da steht Stiri Dürbs. Los, mach mal Webcam. Mach dich doch einmal nützlich. Du misst Vieh. Webcam, bitte. Bitte, bitte Webcam. Los. Alter, wenn ich hier so die Tasse vorhalte, mit den Haaren und dem Bart. Sieht aus wie ein Wanderprediger. Auf jeden Fall, da steht Stiri Dürbs. Guck mal. Hand dahinter funktioniert nicht. Die Kamera ist einfach für den Arsch heute. Vielleicht, weil die zu lange an war. Hat die jetzt ein paar Tage angehabt, weil hier das Setup und so. Da habe ich die einfach nicht ausgemacht. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist die ja heiß. So. Ein Lumenglas haben wir schon. Wir haben von allen Mods die Gläsern. Das war doch wirklich das Letzte. Wir haben jetzt alle Modgläser beisammen. Und hier sieht es einfach aus wie in einer Bar gerade. Ich weiß nicht, wie viele das waren. 14? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier einfach ein ganzes Sortiment an Gläsern. Puh. Okay. Ich glaube, Boss Battle steht an. Und ich bin ganz ehrlich. Den werden wir verlieren. Entschuldigung. Wir werden den Boss Battle verlieren. Weil, wenn jetzt nämlich Herr Mantel schon 160 LP hatte, dann kommen jetzt mindestens 200. Ich habe das Gefühl, wenn wir da reingehen, gibt es kein Zurück mehr. Das letzte Geschenk. Ich glaube, das finden wir hier oder da. Glaube ich. Also. Aber ich habe noch. Wie viele Karten haben wir noch? Ich habe noch Karte 43, 44, 45, 46. Und eine Spoiler-Karte. Wir haben noch ein paar Karten. Aber ich habe alles angeklickt, was es gibt auf dieser Welt. Alles. Ich habe Schorf auf dem Finger vom Klicken. Okay, na gut. Wirklich betreten. Jetzt werden wir vermöbelt. Wir haben es richtig so. Alles gut. Meine alte Zelle. Selbst der Senf klebt noch in den Polsterritzen. Wugi! Da, Harvey. Schau auf dem Tisch. Da saß der pinke Hase, wie auf dem Präsentierteller, und zappelte wild. Los, Edna. Schnapp sie. Und dann lass uns türmen. In dem Moment schloss sich die Tür hinter ihn, und aus Lautsprechern erklang eine Stimme. Dich zu fangen war keine Herausforderung für einen Geist wie meinen. Ich bin schon einmal entkommen. Das schaffe ich auch noch einmal. So rettete Edna ihre neue Freundin Merle und löste das Pflaster von ihrem Mund. Tut mir leid. Ich hatte noch versucht, euch zu warnen. Schon gut. Du kannst ja nichts dafür. Wie rührend. Doch nun ist es Zeit, dann Verhalten endgültig zu korrigieren. Bestaune meine neue Spiegel-Technik. Schau hinein, Edna. Sieh es dir an. Dein Spiegelbild. Eine Beleuchtung ging an, und Edna erblickte am anderen Ende des Raumes einen großen, alten Spiegel. Hätte sie sich nicht um den Hasen gekümmert, wäre ihr dieser sicher schon früher aufgefallen. Los, Leute, überlegt euch was. Wir müssen hier raus. Hör auf zu rebellieren, du verwirrtes Kind. Blicke einfach in den Spiegel und zieh dich an. Erahne, wie glücklich du sein könntest. Wow, ist der Spiegel groß. Nicht, Havi. Du darfst nicht hineinsehen. Du siehst nicht mehr dein Spiegelbild. Ab jetzt erkennst du dein braves Ich. Dein wahres Ich. Niemals. Ich bin mein wahres Ich. Sieh nur, Edna. Mein Zwilling aus einer anderen Dimension. Nein, Havi. Hör auf. Jetzt ist keine Zeit für Scherze. Das ist nur dein Spiegelbild. Ja, genau. Der Zwilling aus der Spiegel-Dimension. Du musst artig sein. Ah, hör nur, was er sagt. Ich höre nichts. Havi, sieh weg. Du darfst Dr. Marcel nicht widersprechen. Du musst Edna auffalten. Ja, Edna. Tu irgendwas. Ist in meinem Kopf. Reiß dich noch ein klein wenig zusammen, kleiner Freund. Ich finde schon einen Ausweg. Die Spielzeit ist vorbei, Edna. Havi? Was ist los mit dir? Warum schaust du mich so an? Doch sie hielt nicht länger Havi in ihren Händen. Die Technik von Dr. Marcel hatte ihn umgepolt. Es wird Zeit, aus dir ein normales Mädchen zu machen, Edna. Entspann dich einfach und lausche Dr. Marcells Stimme. Nein, nicht du, Havi. Das wird Dr. Marcel mir büßen. Doch jetzt... Tut mir leid, mein Freund. Ich hoffe, eine ordentliche Kopfnuss hilft. Woogie Karte 43. Es ist der Spiegel-Havi. Hat auch 160 Lebenspunkte. Der macht 10 Damage. Der Havi hat bei uns gerade mal 1 Damage gemacht. Hier macht jetzt 10 Damage mit seinen kräftigen Armen. Wie macht Funk? Ah ja, 3. Ähm... Mit seiner Intelligenz macht er 8 Damage. Boah... Okay, ähm... Sein Special Move ist Wahnsinn. Und das gibt 10 Damage und in der Folgerunde doppelten Schaden. Alter. Entstanden durch Dr. Marcells Spiegel-Technik, versucht er, ihr Verhalten zu korrigieren. Woogie. Mein böser Zwilling aus der Spiegel-Dimension. Ach so, ja, die Kamera macht wieder nicht, ne? Ja, gut. Wir wissen, das ist der Anti-Havi. Anti-Havi hat 6 Schnelligkeitspunkte. 160 Let's Plays. 160 LPs. Entschuldigung. Geschenk 14. Es ist das letzte Geschenk. Oh nein. 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 So was gibt's? Hä? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich bin echt nicht mehr auf dem Laufenden, ne? Warte mal. So, warte. Du hast eine Null bei den Lebenspunkten. Ich bin so durch gerade. Das wird richtig gut. Ja, rosa H-H-H-H-W. Merle heißt das in diesem Fall, ne? Also sie. So, Merle. H-W. Merle. Wobei ich Harley echt gut gefunden hätte wegen Harley Quinn, aber vor allen Dingen. Aber gut, da kommt wieder Comic-Ich durch. Das ist Merle. So. H-H-W-Line. Frau H-W. Ähm. Ähm. Achso, wechseln. Ich wechsel nochmal. Wechseln. So, hier. Da. Langsam beschleicht mich das Gefühl, ich seh echt scheiße aus mit der Perücke. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. So. Ähm. Der ist direkt von Dödelig. Ah ja, steht ja auch hier hinten drauf. Original Delic Merchandise. Den kann ich aber nicht immer hier hinten hinstellen, ne? Da wird's schwierig. Ich glaub, dann kippen die alle um. Hier hinten steht schon alles. Ich muss, ich muss ihn leider. Man sieht noch ein bisschen die Pfoten. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. So. Okay. Kampf gewonnen. Achso. Ja, klar. Das haben wir. Da haben wir. Das ist schon. Oh, Dödelig ist auch da. Huch. Wer ist denn von Dödelig gerade da? Das ist bestimmt Carsten selbst. Der gerade um diese Zeit. Das ist genau die Zeit, wo der. Wer ist denn gerade da von Dödelig? Liebe Grüße. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Ach, schön. Oh, weia. Ich hoffe, ähm, wo hab ich denn die Karte mit dem Dödelig-Merch? Mist, ich hab das jetzt, jetzt hätt ich, Steffen, komm, seit 2 Uhr nachts schon. Also quasi seit Ende des Streams. Genau seit Ende des Streams. Schön. Ach, ein Träumchen. Das ist ja ein Träumchen. So, warte mal. Ich mach mal ganz kurz. Oh, Mist. Ich kann nicht gar nicht. Ich kann gerade nicht. Ah, jetzt würd ich gerne ganz kurz hier raus. Aber das geht leider nicht. Warte, 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 warte. Ach, Mist, das geht nicht. Okay, naja, gut. Machen wir nächstes Mal. Kampf gewonnen. Ähm, mäm, 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 mäm. So, kann mal jemand ganz kurz den Kamran 1001 bannen, bitte? Das wär super. Wir haben dafür heute extra. Ähm, wo ist denn der? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Oh Gott. So, bitte viel Spaß. Ich hoffe, ich hoffe, die Mods schlafen gerade noch nicht. So, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Du kannst gerne weiter zuschauen, aber sowas wie dich braucht man nicht hier im Chat. Tut mir bitte nicht böse sein. So, gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Der stellt die Kamera sofort scharf. Das ist das, glaube ich, aber auch. Okay, ähm, Steffen dachte bestimmt um 2 Uhr, da können sie das Ende anschauen. Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwie, es hat ein bisschen länger, es hat ein bisschen länger gedauert. Und ehrlich gesagt, ich drück mich vor dem Kampf, aber. Gut. Ähm. Edna fängt an. Dann ist Harvey dran. Ich will nicht gegen Harvey kämpfen. Der ist eine Stoffpuppe. Also, Harvey ist eine Stoffpuppe, der, wie macht denn der so viel Damage? Wie kann das überhaupt sein? Der besteht aus Wolle. Okay, pass auf. Wir haben Edna mit 12 Punkten, aber die Edna macht einen Opener. Die Edna hat nämlich ihre Technik, den Superschlag. Den setzt sie direkt als erstes ein, weil, warum nicht? Ähm, sie hat 12, 15, sie macht 30 Damage. Edna macht 30 Damage auf Spiegel, Harvey. Ähm, damit ist Harvey schon mal runter. H-Way, warte mal, H-Way. Harvey ist runter auf 130. Direkt mit dem Opener. Das läuft. Dann setzen wir den siffigen Becher ein. Harvey setzt aus. Anschließend kommt, äh, Lilly. Lilly macht den Giftstich. Drei Damage. Funk macht, äh, Angriff mit neun Damage. Das sind zwölf Damage. Damage. Zwölf Damage. Ähm, plus Edna mit zwölf Damage sind 24 Damage. 24 Damage. Damit haben wir 106 HP übrig bei Harvey. Ähm, dann, oh, Harvey ist jetzt dran. Wir, wir setzen die Bleed-Zeitung ein. Warte, warte, warte. Bleed-Zeitung. So, warte mal. Eins, zwei, drei, nein, vier, fünf, sechs, ja. Fuck. Es ist ne Eins. Es ist ne Eins. Okay. Ähm, ja, ist nicht so gut. Spiegel Harvey greift an. Leckt mich doch. Das läuft nicht gut für uns. Spiegel Harvey greift an mit ne Fünf. Mit Special Move direkt. Special Move. Zehn Damage auf Edna. Edna hat daraufhin nur noch zehn. Ach, ne. Zehn Damage auf Edna. Minus drei sind sieben Damage, weil sie hat ein neues Shirt an. Sieben Damage plus ein Heal sind eigentlich sechs Damage. Also sind wir bei 14 LP. So, den Heal hat sie ja von Petra. Die ist immer noch in der Gruppe. Ähm. Ähm. Jetzt geht's wieder los. Edna. Zwölf. Ähm. Lilly. Macht drei Damage Giftstich. Sind 15. 16, 16, 17 Giftschaden. 17 plus neun von Funk sind 26 Schaden. 26 und 80. Harvey hat noch 80 Hitpoints. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt nur noch den Kaugummi. Boah, die Zeitung war eigentlich wichtig. Wir haben nur noch den Kaugummi. Und ich glaube, wir hatten jetzt lang genug Glück. Ich glaube, ich kann mal richtig auf die Fresse. Kaugummi. Äh. Effekt zwei natürlich. Effekt zwei. Und wir haben eine zwei gewürfelt. Der Kaugummi wirkt auch nicht. Harvey wird jetzt doppelten Damage machen. Äh. Die drei. Zehn Damage. Zwanzig, also. Aber wir werden so verlieren. Wir werden so verlieren. Ist Merle nicht auch in eurer Gruppe? Nee, 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 nee. Merle kämpft nicht. Okay. Harvey nimmt Edna aus dem Rennen. Und damit haben wir den Kampf eigentlich schon verloren. Edna ist down. Wir haben nur noch. Den schmächtigen Funk. Und die schmächtige Lilly. Ähm. Lilly macht. Das schaffen wir eh nicht mehr. 80 Hitpoints. Das kriegen wir nicht hin. Spezialattacke hatten wir schon gemacht. Also so oder so. Wir könnten ihn auch Lilly angreifen lassen. Aber es wird nichts mehr ändern. Das muss. Das hätte optimiert laufen müssen. Aber wir haben Pech gehabt mit der Zeitung. Und wir haben Pech gehabt mit dem Kaugummi. Ähm. Was natürlich logisch ist. Weil wir hatten die letzten. Also logisch nicht. Aber wir hatten die letzten Runden halt echt die ganze Zeit Glück mit allem. Safestand laden. Safestand laden. Ähm. Kampf gewonnen ist glaube ich ein Nein. Ich glaube wir können gleich nochmal von vorne anfangen, oder? Weil wir kriegen die 80 Hitpoints auf jeden Fall nicht runtergeprügelt. Wenn wir nicht, ähm. Gut, sagen wir mal Lilly hat überlebt. Sagen wir mal Edna hat überlebt. Sagen wir mal Edna hat überlebt. Sagen wir hat Lilly gerade umgebasht. Dann ist Lilly weg mit einem Schlag. One Hit Wonder. Vier. Ist das schlau Lilly weg zu hauen? Lilly macht vier. Ja gut, macht kaum Unterschied. Macht kaum Unterschied. Okay. Ähm. Fang nochmal von vorne mit anderer Strategie. Die Strategie ist die einzige, die wir da machen können, leider. Das ist die einzige Strategie, die wir da machen können. Und wir brauchen das Glück der Würfel. Ohne Glück der Würfel kommen wir auf keinen Fall durch. Das geht nicht. Fang einfach mit Pfannen, dann macht er das im Alleingang. Okay, pass auf. Wir haben jetzt noch Edna. Zwölf. Plus Fang neun. Sind 21. 21 Damage. Ähm. 20 Minus 3 wären 17. Ne, hätte nicht funktioniert. Okay, hätte nicht funktioniert. Ähm. 21. 21. Pass auf, wir machen mal 21, dann hätten wir jetzt noch, äh. Das wären 60. 59 hätten wir jetzt. Beim HW. Ja. Jetzt kommt HW aber wieder dran. Aber selbst der wird nicht mit einer, wenn wir jetzt eine 2 werfen. Hä? Du vergisst immer HW, der Giftpfeil macht 4 Schaden. Du vergisst immer HW, der Giftpfeil macht 4 Schaden? Ha, hä? Welcher, welcher, welcher Giftpfeil macht 4 Schaden? Wovon redest du? Das Gift, was schon wirkt. Oh, stimmt. Das Gift wirkt noch. Stimmt. Wir haben. Du meinst das Gift von dem Bienenstich. Stimmt. Das wirkt noch. Wir haben also 57. Wir müssen hier alles rausholen. 57 haben wir in dem Fall. Lilly hat schon einmal angegriffen. Giftstich. Ähm. HW hat 57. Aber ganz ehrlich, das wird, ich glaube, ich will nicht pessimistisch sein, aber. So. Oh, alles klar. 2. Spiegel HW setzt aus. Aber das heißt nichts. Lilly ist immer noch down. Ähm. Edna greift mit 12 an. Plus Franks sind 21. Plus Gift sind 23. Damit kommen wir auf 34 bei HW. Aber ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Es sei denn, HW setzt wieder aus. Dann haben wir eine Chance. Dann schaffen wir das. Aber ich glaube nicht. Ähm. Warte. Ja, HW macht eine 5 wieder. Der HW macht eine 5. Und der semmelt jetzt einfach mal fett den Funk weg, wie es aussieht. Nee, der Funk hat noch 4 Hitpoints. Funk hat noch 4 Hitpoints. Ist erst nächste Runde. Ähm. Funk hat noch 4 Hitpoints. Nee, der Funk hat auch noch ein Shirt an. Der hat noch 6 Hitpoints. Was überhaupt gar keinen Unterschied macht. Der hat ja ein Shirt an. Ähm. Jetzt Edna 12, 21, 21, habe ich das berechnet? Ja. 21, ähm, 22, 23. 23 Schaden. Oh, warte mal. 23 Schaden sind jetzt nur noch 11 Hitpoints. Oh, 11 Hitpoints bei HW. HW hat nur noch 11 Hitpoints. Wir gewinnen die Runde. Aber auf dem letzten Loch. Auf dem allerletzten Loch. Okay, pass auf. HW ist dran. Oh. HW setzt aus. HW setzt aus. HW ist down. Edna und Funk verprügeln HW. So. Irgendwie hört es sich immer so an, als wenn Gronk cheaten würde. Ja, 80 minus 6. Haha, das sind 36. Wir gewinnen. Nein, du kannst nachrechnen. Rechne alles nach. So. Ja, wir haben HW gerade verprügelt. Kampf gewonnen. Juhu. Als HW besiegt war, schnappte sich Lili Hulgors Holzhammer und zerschlug den Spiegel in tausend Scherben. Wartet es nur ab. Die Tür bleibt verschlossen. Ich habe alle Zeit der Welt, um euer Verhalten anzupassen. Was war los? HW, du bist wieder normal. Dr. Marcel hatte dich umgepolt. Geht's dir gut, Edna? Ich wollte das nicht. Ich würde nie... Schon gut, HW, das weiß ich doch. Als Edna sich wieder gefangen hatte, ging sie auf den kaputten Spiegel zu und nahm sich eine Scherbe, mit der sie erneut das Polster vor dem Lüftungsschacht zerschnitt. Kein Problem für eine Profiausbrecherin wie mich. Unser Trupp kletterte nach und nach durch den Schacht und landete in Dr. Marcells Büro, wo dieser bereits auf sie wartete. Hugo an seiner Seite. Du siehst also immer noch nicht ein, dass dein Verhalten falsch ist, Edna? Zu schade. Nun, Hugo, ich denke, wir sollten uns gemeinsam darum kümmern. Töt mir leid, Edna, aber er verspricht mir, dass ich als Gehalt entlassen werde, wenn ich ihm helfe. Ich kann endlich wieder zu meiner Familie. Du redest zu viel, Junge. Schnapp sie dir lieber. Watt. Ziehe Karte 44. Scherbe, Waffe. Eine Scherbe des Spiegels. Sie macht drei Schaden. In den falschen Händen ist sie sehr gefährlich. Gut, dass ich sie nun habe. Da ist eine Scherbe. Eine sehr unscharfe Scherbe. Da ist eine Scherbe. Wir können jetzt nochmal Waffe ausrüsten. Das heißt, Edna kriegt noch einen Point dazu. Oder Lilly auf keinen Fall. Und Funk greift ja immer mit seiner übermäßigen Intelligenz an. Insofern muss Lilly die haben. Ich muss sie ganz kurz eben so. Scherben. Jetzt muss ich die Scherbe bei Edna ausrüsten. Edna kriegt noch einen Hitpoint. Also einen dazu. Oh, stimmt. Ich kann nur noch. Ich habe eine XP gesammelt. Ich glaube, wir spielen das Spiel auf 100% durch. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesammelt und alles gefunden. Das Schwierigste war die Mod-Tasse. Den Rest haben wir geschafft. So. Edna kriegt die Scherbe. Macht ab sofort noch einen Damage mehr. Das muss ich mir ganz kurz eintragen. Um Gottes Willen. Drei. Macht 13. So. Gut. Ja. Kommen gerade rein. Funk greift mit seiner überragenden Intelligenz an. Verstehe gar nichts. Schön. Dann. Edna kriegt einen Hammer. Edna kriegt einen Hammer. Lilly kriegt einen Hammer. Ich bin langsam leider schon ein bisschen durchgepeitscht. So. Lilly kriegt einen. Die Lilly kriegt einen Hammer. La 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 la. Kennt man Hugo eigentlich? Nein, Hugo kennt man noch nicht. Hugo ist ja quasi neu. Hugo ist das andere Pendant zu Edna. So. Lilly kriegt den Hammer. Was sie persönlich auch gar nicht so schlecht findet. Und kriegt damit noch einmal Kraft drauf. Einmal Kraft. 5. 5. Jetzt hat sie 5 Kraft. So. Gut. Waffen haben wir ausgerüstet. Jetzt Karte 45. Karte 45. Karte 45 ist Hugo. Da ist der Hugo. Leider immer noch sehr unscharf. Hugo 80 LP macht einen Angriff von 7 Damage. Zum Vergleich Funk macht 3 mit den Armen. Ja. Hugo macht 7. Intellekt 5 Damage. Sein Special Move ist steigende Wut. 8 Damage. Und dann plus 2 Damage dauerhaft auf alles. Für immer. Und das steckt sich wahrscheinlich noch. Der kriegt wahrscheinlich plus 2. Plus 2. Plus 2. Ja. Okay. Zeit ihn aus Dr. Marcells Clown zu befreien. Das ist ein Gegner. Und ich glaube diesmal kämpfen wir gegen 2 Gegner. Zum ersten Mal. Oh. Dr. Marcel. Oh Gott. Boah Stirio. Was tust du mir an? Dr. Marcel hat 120 LP. Zusammen haben die beiden 200 LP. Und greifen aber auch zu zweit an. Das heißt. Der Hugo hat ja sein Damage. Aber Dr. Marcel macht auch nochmal 5 Damage mit den Armen. Mit dem Intellekt macht er 8 Damage. Sein Special Move ist verwirren. Und das meine ich jetzt mit Warum tust du mir das an? Sein Special Move ist verwirren. Für 2 Runden wird Kraft Damage zu Intellekt Damage. Und umgekehrt. Und zusätzlich. Eine deiner Figuren. Zufall. Greift in der nächsten Runde random sich oder Freunde an. Aber wie soll ich das denn per Zufall? Wie soll das denn per Zufall gehen? Ich kann doch kein. Das muss ich doch bestimmen. Das geht doch nicht per Zufall. Und wie soll ich mir das alles merken? Guck mal auf die Ohren. Puh. Ähm. Ja. Würfeln. Werf einen Würfel. Aber wie soll ich denn bei allen 3? Soll ich dann bei allen 3 einen Würfel werfen? Ja, ich müsste wahrscheinlich 1 und 2 sind Li. 3 und 4 sind Edna. 5 und 6 sind Funk. Nur bei ihm wird Kraft dann zur Intelligenz. Ah. Puh. Äh. Ja, verwirren. Ist gelungen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Okay, wir haben 2 Gegner. Wir haben gezogen. Ähm. Level up haben wir leider nicht. Wir haben jetzt, oder? Nee, ne? Nee, wir haben 2 XP leider. Oder ich hab mich verrechnet und wir hätten jetzt 3 haben müssen. Vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Oder warte mal, ich kann ja eigentlich durchzählen, ne? Das sind ja alles die Gegner, die wir besiegt haben. Ich zähl mal ganz kurz durch, ob wir bei den XP... Ich muss alles hier irgendwie... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ich glaub, das passt, oder? Wie viele Level-Ups haben wir gemacht? 3 Level-Ups. Wir müssten also... 3 Level-Ups, ne? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2. 3. 3. 1, 2, 3. Wir haben 3 Level-Ups gemacht? Nee, wir haben 4 Level-Ups gemacht. Entschuldigung, mein Fehler. Wir haben 4 Level-Ups gemacht. Alles gut. Wir haben 4 Level-Ups gemacht. Ich hab richtig mitgezählt. Alles klar. Es gibt leider keinen Punkt. Ich kann hier nichts rausquetschen. Schade. So, Hugo wieder drauf. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Edna ist natürlich die Erste, die angreift. Edna hat 13 Kraft plus 3 Intelligenz. sind 16. Sie macht also 32 Damage auf Hugo. 32 Damage auf Hugo. Oh Gott, ich... Äh... Die Zeit ist voll. Was? Rumstucki. Oh, hier ist noch was von Anno. Ähm... Hugo. Hugo. Wie macht sie 32, ne? 32 Damage. Was? Sind 48? Ach so, wenn man das abzieht. Dann hat er noch 48. Dann hat er noch 48 HP. Okay, Hugo hat 48. Ähm... Als nächstes ist jetzt aber auch Hugo dran. Oh, Fug. Jetzt habe ich ein Problem. Zwei Gegner. Heißt, wir können die ganzen Items, die wir haben, nur auf die verteilen. Auf den Gegner gespuckt, pausiert der Gegner. Die Items, die wir haben, zählen nur für einen Gegner. Die zählen sich, äh... Die zählen leider nicht für alle Gegner. Also ist die Frage natürlich, wen wir blocken. Und ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Ähm... Marcells Effekt ist schlimmer. Ähm... Ja, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Vor allem das mit dem Verwirren. Das kriege ich nicht mehr hin. Okay. Dann würde ich sagen, wir werfen den siffigen Becher auf... Ähm... Wobei, Dr. Marcel ist ja noch gar nicht dran. Dr. Marcel ist ja noch gar nicht dran. Wir könnten jetzt noch beide verhindern. Ähm... 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 Oh Gott, das wird schwierig. Dr. Marcel kommt erst nach Lilly dran. Hugo ist allerdings jetzt schon dran. Das heißt, Hugo müsste jetzt schon... Äh... Okay. Ja, dann ist jetzt... Dann ist halt jetzt Hugo dran. Wir probieren es mal. Mal gucken, was passiert. Ähm... Hugo. Hugo macht eine 2. Hugo macht eine 2. Der setzt eh aus. Der sabbert noch ein bisschen. Das ist sehr gut. Dann kommt jetzt erst mal die Lilly dran. Die macht einen Giftstich, aber nicht auf Hugo. Die macht einen Giftstich auf Marcell. Dr. Marcell. So, Lilly macht einen Giftstich auf Marcell. Der hat jetzt 3 Damage weniger. Das ist nicht viel. Aber dafür hat er jetzt... Hat er eine Vergiftung über alle Runden. Ähm... Das heißt, er hat 117... Hat er noch. 117. So. Dann kommt Funk. Ja, das war richtig, ne? Ja. Dann kommt Funk. Der nimmt seine ganze Intelligenz zusammen und zündet noch jemanden an. Und zwar Hugo. Mit 9. Hugo ist damit auf... äh... 39. So. Hugo hat 39. Wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, ich mache das richtig gerade, weil ich möchte mich, dass das Gift den Marcell schon ein bisschen... ein bisschen runterzieht. Das ist minimal. Vielleicht wäre es eigentlich sinnvoller, wenn wir Hugo zuerst kaputt machen. Aber dann sind natürlich die ganzen Giftstiche schon weg. Vielleicht hätte Lilly ihn direkt angreifen sollen. Mit Kraft plus... Sie hat Kraft... Plus 2 von diesem Ding da, ne? Von dem... Sie hat jetzt diesen Hockeyschläger, diesen Cricketschläger, glaube ich. Ja, okay. Ähm... Puh. So, wo war ich? Lilly hat ihn gestochen. Jetzt kommt Funk. Funk hat zugeschlagen. Hugo hat jetzt nur noch 39. Jetzt kommt... Jetzt kommt Edna. Mit 12 LP. Edna zieht 12 LP ab. Ähm... 12 LP... 27 bei Hugo. Ich würde Hugo halt super gerne erstmal aus dem Weg räumen. Das wäre toll. Ich werfe einen siffigen Becher auf Marcel. Scheiß auf den. So. Oh. Ja, eigentlich wäre Marcel vor Edna dran gewesen, sehe ich gerade. Aber ist egal. Wir haben den siffigen Becher auf ihn geworfen. Dann war Edna dran. Jetzt ist Hugo dran. Oh Gott, die Reihenfolge. Alter. Jetzt ist Hugo dran. Was? 13? Was? Was? 13? Ach, 13 wegen Scherbe. Stimmt, war nicht 12, ne? Ja, 13. Ja, ja, wegen der Scherbe. Entschuldigung, das ist die Gewohnheit. Ähm... Dann wären es 26. So, Hugo hat nur noch 26. Okay. Gut. Hugo greift an. Mit Kippel. Mit 4. Mit seinem Intellekt greift Hugo an. Hugo hat ein Intellekt von 5 Damage. Auf Edna. Minus 3 dank dem Mantel. Zieht er 2 Hitpoints ab. Edna ist runter auf 18. Wird aber geheilt. 19. Ich hoffe, das ist okay. Boah. Es... Boah. Die schlimmste Runde von allen. Und die ganz am Ende, wenn man eh schon durch ist. Puh. Kleiner GM-Tipp zum Einhalten der Reihenfolge. Schreibt die Namen in Reihenfolge auf. Ja, habe ich auch tatsächlich. Ja. Ja. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Jetzt habe ich die... Ich habe die Namen in Reihenfolge, so wie sie Hitpoints verlieren. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ähm... Vielleicht mache ich nochmal... Pass auf. Ich mache jetzt nochmal schnell die Reihenfolge. Warte, warte, warte. Wir machen gleich weiter. Ähm... Reihenfolge war Edna. Edna... Edna... Hugo... Äh... Hugo... Nach Hugo war Lilly. Das macht es mir hier echt ein bisschen einfacher gerade. Funk. Marcel. So, Marcel. So, machen wir das so. Äh... Edna ist gerade bei 19. Marcel ist bei 117. Äh... Hugo ist bei 26. Und wer hat jetzt gerade zuletzt angegriffen? Zuletzt hat Hugo, glaube ich, ne? Seine, ähm... Hugo hat sein W4-Damage gemacht, glaube ich. Das müsste das gewesen sein. Ja. Okay. 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 Haben wir das. Gut. Boah... 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 So, Lilly. Lilly greift an. Macht nochmal Giftstich auf Dr. Marcel. 3 Damage plus 2 sind 5. 5 Damage. Dr. Marcel hat nur noch 112 Hitpoints. Dann kommt Funk. 9 Damage auf Hugo. 9 Damage auf Hugo sind 17. Der hat noch... Hugo hat noch 17 Hitpoints. So, ähm... Achso, Lilly und Funk habe ich gerade gemacht. Jetzt ist Dr. Marcel dran. Wir probieren mal, die Bleed auf Dr. Marcel zu werfen. 1, 2, 3, 9. 1, 6. Traumhaft. 1, 6. So. Dr. Marcel setzt aus. Jetzt ist wieder Edna dran. Edna macht 13 Punkte auf Hugo. Warte. Lass mich ganz kurz überlegen. Funk hat 9. Und Lilly hat 5. Lilly hat 5, glaube ich. Funk hat 9. Und sie hat 5. Reicht nicht. Nee, jetzt reicht nicht. Okay, schade. Schade, 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 schade. Ähm... Ich versuche gerade optimal auszuloten. Wer jetzt... Äh... Wer er Hugo umklatscht. Hugo hat noch 17 Punkte. Ähm... Edna hat eine Kraft von 13. Da müsste Lilly ganz kurz... Ja, Lilly müsste uns helfen, damit Funk mehr Schaden bei Dr. Marcel macht. Ich glaube, das ist okay, oder? Ich glaube, das wäre besser. Wenn Funk den Schaden jetzt bei Dr. Marcel macht. Also, Edna greift... Edna greift Hugo an. Für 13. Hugo klappt zusammen. Und hat nur noch 4 Hitpoints. 4 Hitpoints. Äh... Dann ist Lilly dran. Den Giftschaden, der geht noch weiter. Lilly greift jetzt erst mal mit ihrer Kraft den Hugo an. Der ist damit aus dem Rennen. So. Habe ich das richtig gemacht? Warte. Nee. Nee. Warte. Hugo ist noch dran vorher. Oh Gott. Ah. Ich werde wahnsinnig. Hugo ist vorher noch dran. Ich werde wahnsinnig. Warte. Bevor Lilly jetzt zuschlägt. Hugo. Äh... Der macht eine 5. Der macht das krasseste von allen. Der ist richtig wütend. Der macht 8 Damage auf Edna. Minus 5. Äh... Minus 5. Warte mal. 8 Damage. Minus 3. Sind 5. Ja, ist richtig. Äh... 5 Damage auf Edna. Äh... Edna hat daraufhin noch 14 Punkte. 15, weil sie geheilt wird. Nee, sie wurde vorher auch geheilt. Oh, sie hatte 20 Punkte. Ich habe letzte Runde vergessen zu heilen. Entschuldigung. Habe letzte Runde nicht geheilt. Aber ja. Es wurde ja geheilt. Und ich müsste eigentlich noch Petra Passiv hier mit reinschreiben. Ich schreibe Petra hier nochmal mit rein. Weil, Alter, es sind einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute gerade beteiligt an diesem Kampf. Mir qualmt der Kopf. So. Lilly haut jetzt Hugo weg. Hugo ist down. So. Tschüss, Hugo. Boah. Keine Ehre unter Dieben. Dankeschön. Keine Ehre unter Dieben. Vielen, vielen Dank. So. Sie wurde... Nee, 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 nee. Edna wurde nur beim ersten Mal geheilt. Aber wir hatten schon wieder eigentlich mehrere Runden zwischendurch. Also mindestens eine. Und da habe ich nicht geheilt. Ähm. Okay. Lilly war dran. Funk. Macht 9 Schaden auf Dr. Marcel. Plus das Gift. 9, 10, 11, 12, 13. 13. Dr. Marcel ist somit bei 99 Hitpoints. Oh. Ich war zu großzügig mit dem Platz. Dr. Marcel hat 99, äh... Äh... Hitpoints. Oh, Alter. Boah, ich bin... Ich bin... Lieber Stirio, bitte sei mir nicht übel. Ich bin froh, wenn ich durch bin gerade. Gerade bin ich wirklich froh, wenn ich durch bin. Oh. Ich glaube, das war bei Fallout am Ende auch so, ne? Da war ich dann auch irgendwann so... Oh, gedamaged. Gift aus der Runde davor haben wir schon eingesetzt gerade. Habe ich gerade gemacht. Das war ja zweimal Gift. Haben wir schon eingesetzt. Okay. Gut. Ähm... Der Funk war gerade dran. Jetzt probieren wir Kaugummi auf Dr. Marcel. Bitte sagt mir, dass es klappt. Und wir haben eine 5. Ja, wir haben eine 5. Es klappt. So, Kaugummi auf Dr. Marcel. Dr. Marcel ist immer noch regungslos. Ähm... Jetzt kommt Petra und hielt wieder. Edna hat somit 17 Punkte. Jetzt habe ich es nicht vergessen. Und Edna greift an... Für 13 Punkte. 13 Punkte plus Giftstich. 16 Punkte plus 9 sind 25 Punkte. Plus zweimal... Plus zweimal Gift. 25... 29. 29 sind 70. Dr. Marcel hat noch 70 Hitpoints. Aber Dr. Marcel legt jetzt erst los. Batschkulitsch! Lieber Batschkulitsch! Vielen, vielen Dank, lieber Batschkulitsch! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Vielen Dank für 10 Gift-Subs! So, okay. Dr. Marcel ist runter auf 70. Petra heilt. Edna hat 18 Hitpoints. 18. So. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht es aber richtig los, denn Dr. Marcel ist unleashed. Wir haben jetzt... Kaugummi haben wir gemacht, ne? Ja, oder? Haben wir Kaugummi gemacht gerade? Ich bin echt durch. Ich muss wirklich fragen. Haben wir Kaugummi und Zeitung gemacht? Ja, ne? Ja, ja, okay, ja. Entschuldigung. Frag einmal nicht. Frag einmal nicht. Okay, Kaugummi haben wir gerade gemacht. Gehirn, ciao. Dr. Marcel greift an. Ein Kippel. Er greift ein Kippel an. Oh, fuck. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, fünf. Ähm, verwirren. Für zwei Runden wird Marcells Kraft Damage zu Intellekt Damage. Und umgekehrt, oder? Und eine deiner Figuren, Zufall, greift in der nächsten Runde random sich oder Freunde an. Das heißt, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt einmal, eins und zwei ist Lilly, drei und vier ist Edna und dann ist natürlich noch da der Funk. So, der Funk ist es. Der Funk greift an mit seiner Kraft. Der Funk greift an mit der ganzen Kraft seiner männlichen Arme in der nächsten Runde. Äh, und natürlich ist es der Funk. Natürlich ist es der Funk. So, okay. Nur in der nächsten Runde. Okay. Gut. Das war's aber sonst, oder? Funk greift an. Ähm. Jetzt ist aber Edna erstmal dran. Edna hat 13, macht 13 Schaden plus Lilly. Lilly macht 5 Schaden. Das sind 18 Schaden. 18 Schaden plus 6 aus Gift. Sind 24 Schaden immerhin schon mal auf Marcel. 24 Schaden auf Marcel. Das sind 46 Hitpoints nur noch. Wenn ich das richtig sehe. So. Okay, okay, okay. Boah. Gut, und jetzt müsste Funk angreifen. Mit seinen unglaublichen Dreierstärke-Armen greift er Edna an. Ähm. Edna hat 18 Punkte. Minus 3 vom Mantel. Gut, ich trinke mal kurz was. Ist hier überhaupt noch was drin? So, warte, warte. Mhm. Nee, bei Feinden kann ich mir angreifen. Äh, auch suchen wir nie angreifen. So. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ja, Funk. Puff. Der Funk ist einfach, der ist einfach, der Funk. Der Funk prellt sich seine Hand am harten Mantel. Schön. Gut, das war sehr gut. Ähm, Problem ist jetzt Dr. Marcel wieder dran. So, und jetzt hat Dr. Marcel, für zwei Runden wird Kraftdamage zu Internet, äh, zu Internetdamage. Zu, zu Internetdamage. Ja. So, gönn dir noch einen Kaffee. Der bringt nichts, sonst schmeckt er noch schlecht. Schön, hat, hat Edna nicht 19 Punkte? Oh, warte. Die hat nicht geheilt, ne? Die hat jetzt eigentlich 19 Punkte. Das ist richtig. 19 Punkte. Warte, warte. Ja, die hat 19 Punkte jetzt. Warte, was für ein Krampf hier alles. 19 Punkte. Stimmt. Ich hab das Heilen vergessen. So. Marcel ist dran. So, warte, warte, warte. Nee, Edna hat den Powerschlag leider schon direkt in der ersten Runde eingesetzt und damit hat sie nicht mehr genug Konzentration für den zweiten. Ich hab nichts vergessen, hoffe ich. Dr. Marcel ähm, greift mit W3 an. W3 ist ja verwirren Okay, warte mal, ich muss ganz kurz klären. Stereo. Das Verwirren von Dr. Marcel für zwei Runden ändert das Kraftdamage und Intelligenzdamage bei unseren Charakteren oder bei ihm selbst? Weil bei ihm selbst macht das grad keinen Sinn, oder? Weil er verwirrt ja die anderen. Ja, warte, warte. Ich hab Stereo selber schon jetzt vielleicht schon am Pennen, ich weiß nicht genau. Ah, nur bei ihm. Der schwache Kraftdamage wird zum starken Intellekt. Achso, aber nicht umgekehrt. Ach, plus siehe unten. Ich dachte, das heißt auch irgendwie und umgekehrt. Ah, okay. Huch. Maurer Spolle. Dankeschön bei Maurer Spolle. Vielen Dank. Okay, bei ihm selbst. Bei den Spielfiguren hätte es nämlich irgendwie keinen Sinn gemacht, weil er hätte mir einfach andersrum angegriffen. Okay, gut. Schade. Also, ich dachte, da wär wieder ein Schlupfloch. Schade. Okay, ähm... Marcel greift an mit 8 Damage. Auf Edna. Minus 3 sind 5 Damage. Sie ist wieder bei 14. Wird aber geheilt, ist jetzt bei 15 Punkten. Edna ist bei 15 Punkten. Daraufhin. Daraufhin prügelt sie den behinderten Mann die Faust direkt in die Magengrube, dass er in den Rollstuhl sinkt, mit dem Arsch hinten durch die Sitzpolster einmal durchrutscht. Ähm... Edna verprügelt den behinderten Mann für 13 Punkte. Plus... Lilly... Warte mal, 13 Punkte. Plus Lilly 5 sind 18. Warte mal, 13 Punkte plus 5 sind 18, ne? Ja. Sind 18. Plus Funk sind 27. Plus... Das sind... 18, 20, 29. 30, 31. 23... Ah ja, 33. Stimmt, wir sind bei Maximum von 33 Punkten. 33 Punkte auf Marzel. Ähm... Das sind dann nur noch 13 Hitpoints für den alten Mann. Egal, was er jetzt tut. Es spielt keine Rolle mehr. Marzel greift an. Mit einer 4. Die 4 ist Intellect Damage, 8 Damage. Minus 3 auf Edna. Er ballert wieder auf Edna. Ähm, warte mal, 8 Minuten. Sind, äh, sind 5. Damit hat Edna noch 10 Hitpoints plus 1. Wegen Heal sind 11. Und Marzel ist down. Edna prügelt ihn einfach nochmal ganz kurz. Das Gesicht richtig so mit dem Mann. Er hatte 13 Hitpoints. Die hat ihm Edna gerade alle aus dem Gesicht gezwiebelt. Der Bossfight ist gewonnen. Wir haben kein einziges Mal verloren. Was ist denn hier los? Das eine Mal war sehr knapp. Der letzte Kampf. Aber wir haben gewonnen. Kampf gewonnen? Ja. Und so bezwang Edna den Doktor erneut. Er kippte mit seinem Rollstuhl um, schlug mit dem Kopf gegen die Kanter seines Schreibtisches und blieb bewusstlos liegen, während Edna sich Hugo zuwandte. Es ist vorbei. Für mich. Und für dich. Ah, aber... Edna, nicht! Doch, Edna. Sag ihm die Wahrheit. Die Wahrheit? Wie? Edna nicht? Harvey will nicht, dass wir die Wahrheit sagen? Ähm, aber welche Wahrheit? Also ich will jetzt wissen, was die Wahrheit ist. Wir wollen alle wissen, was da los ist. Wahrheit? Lüge? Was war denn... Du hattest doch die Akte gelesen wegen Eltern. Hm. Oh, seine Familie ist im Feuer gestorben, das er gelegt hat, aber er denkt, sie leben noch und will zurück. Oh. Das habe ich ja ganz vergessen. dieses unwichtige, marginale Detail. Ähm. Die Eltern sind im Feuer umgekommen. Der Doktor hat ihn erpresst, dass er zu ihnen kann, wenn er ihm hilft. Aber er hat ja, okay, ganz kurz, er hat ja dieses Ding so, ich kann alles machen, was ich will, denn ich bin ein ganz besonderer Junge, ich bin ein edgy Teenager auf Twitter. Das Übliche. Und eigentlich sollten wir eben genau deswegen auch, eigentlich sollten wir ihm die Wahrheit sagen. Einerseits, weil Dr. Marcel ihn damit erpresst hat, dass er dann zu seinen Eltern kann, die aber schon tot sind, und Marcel hat gelogen. Und andererseits, weil er ja eigentlich die Verantwortung dafür trägt. Und jetzt aber immer noch so, ja, wir können alles, ich kann alles machen, ich darf alles machen, ich komme mit allem durch. Und das funktioniert nicht bei allem. Und das wird nicht immer funktionieren. Und das darf auch nicht immer funktionieren. Also ich hoffe, ne, aber... Der Doktor hat dich nur belogen. Es gibt keine Familie mehr, zu der du zurückkehren könntest. Sie sind gestorben in dem Feuer, das du gelegt hast. Edna erreichte ihm seine Akte, in der es stand. Auch wenn es keine Absicht war, du musst dich deiner Vergangenheit stellen und daraus lernen. Du kannst nicht immer nur Faxen machen. Außer es macht Spaß. Komm schon, du bist ein guter Kerl, nur etwas wild. Was dir fehlt, ist jemand, der dir hilft, einzusehen, wann du übertreibst. Du meinst doch wohl nicht... Tut mir leid, Harvey. Aber er braucht Merle dringender als wir. Das denke ich auch. Macht euch keine Sorgen. Ich passe schon auf ihn auf. Aber wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Es muss ja kein Leben wohl für immer sein. Und bevor ich es vergesse, danke für deine Rettung, mein Held. Mensch, jederzeit wieder. Danke, Edna. Für alles. Ich glaube, wir beide ziehen jetzt lieber los, bevor der alte Doktor wieder aufsteht. Wir machen uns auch wieder auf die Socken. Oder was meinst du, Harvey? Oh ja. Lass uns den Schuppen endlich wieder verlassen. So, jetzt halten einfach alle mal die Klappe. Jetzt bin ich dran. Cooles Bild. Okay, warte. Credits. Äh, warte, warte, warte. Äh, äh, äh. Edna bricht aus Aus diesem Möhrenhaus Doch wie kommt sie auf die Schnelle Aus dieser Gummizelle Lass uns den Mond anzünden. Harvey sagt Sie ist ja die Games-Branche hier. Vielleicht gibt es ja einen Patch, ne? Denn Edna bricht aus Unfassbar alles. Ist einfach alles unfassbar. Edna bricht aus Edna bricht aus Und kommt nie wieder Edna bricht aus Egal wie Hauptsache raus Erst durch den Lüftungsschacht Dann mit dem Auto Durch die Nacht Was will eigentlich Dr. Marseille Bye, bye, Dr. Marseille Und kommt nie wieder Huch So ein Beilidankeschön Warte, ich muss die ganz kurz I think I did it again I made you feel it For more than just rest Oh baby It might It seems like a crunch But it doesn't mean That I'm serious It's to lose all my senses That is just so difficult to me Oh baby, baby Oops I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby Oops You think I'm in love That I'm sent from above I'm not that innocent You see my problems I'm dreaming away Wishing that heroes say truly exist I cry watching the days I cry watching the days If you see I'm a fool In so many ways In so many ways I am not to lose all my senses That is just so typical to me Oh baby, baby Oops, I did it again I play with your heart Got lost in the game Oh baby, baby Oops, you think I'm in love When I'm sent from above I'm not that innocent Die Räder Tschüss, Tschüss Schön Oha Alles klar? Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me maybe Du Edna, du musst mir helfen Ich bin nur hier, weil Dr. Marcel Mich aus dem Internet Verschwert, Siebarre go Aus dem Internet, genau So klein und schon bei den Sturmtruppen? Was? Hey, lieber Erik, lieber Gronk Der Marv hier Marvin Clifford aus Berlin Der Comiczeichner Und ich habe die Ehre, dir gratulieren zu dürfen Dieses Spiel zu 100% durchgespielt zu haben Und hatte doch gar keine Zweifel Weil es einfach mal kein Rätsel auf dieser Welt gibt Was zu schwer für dich wäre Ja Und ich bin mir auch ganz sicher Dass du diese Nachricht nicht irgendwo mittendrin findest Sondern am Ende, wie es sich gehört Weil solche Fehler passieren Einfach ganz großen Letztspielern wie dir nicht Also dann Feuchter Kuss Duckface Handmilz Vom fetten Klopfort aus Berlin Handmilz Oh, der Marvin Ich kann dich lauter machen, leider gerade Ich kann leider Fass mich an Ja, unbox mich Hi Gronk, hier ist der Kaya Grüß dich Ähm, ja Jetzt habe ich auch gelernt, was Unboxing bedeutet Ich habe einfach gedacht Du willst nur nicht in den Ring steigen Aber nein Ähm, Unboxing Und ich bin mit dabei Beim Unboxing Ähm, ja Ich hoffe, wir sehen uns bald Und dann spielen wir wieder mal eine Runde zusammen Ja, klar Und lassen wir alle anderen mit dran teilhaben Äh, so wie wir das neulich gemacht haben Und äh, ich brauche nur, glaube ich, auch so ein Kürzel So ein Handel, so wie du Ja, so was wie Gronk Ja, Kaya Ich habe, ich habe eine Idee Wie wäre es Also, Kaya muss ja irgendwie mit Da, äh, Kajonk Kajonk Ja, hört sich Kunk Kank Egal Bis zum nächsten Let's Play Hab ich meinen Spielernamen Handel Let's Play Namen Rausgefunden Und bis dahin Ja Unbox mich Gronk Meister des nicht wirklich vorhandenen Wir loben und preisen dich Gronk Retter der Geknechteten Und Hänschenhalter der Geschundenen Wir loben und preisen dich Gronk Oh, Heim aller Nerds und Gebieter Über die Verdammten des Festplatten Crashs Wir loben und preisen dich Gronk Du Computerbacillus in der Petrischale Des wahren, schönen, guten Wir loben und preisen dich Gronk Du großer Finger am Abzug des Sockenschusses Wir loben und preisen dich Gronk Baumeister der Zukunft Freund der Arbeiter Erster Führer der ME Und aller unserer Gremlins Wir loben und preisen dich Was? Ja, ja Rufus preist dich auch Aber immer schön auf dem Teppich bleiben, gell? Kann ich das als Team-Auto nehmen? Hallo Gronk Patrick hat mich gebeten, dir eine kleine Sprachnachricht zukommen zu lassen Und ich wollte dich mal raten lassen, wer denn hier wohl spricht Ich gebe dir kleine Hinweise wie Der Whisky-Mixer Friendly Feier zurück Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal Und spielen ein paar schöne Alles-Nichts-Oder-Spiele Sommerliche Grüße Vom Helli Tschüss Oh, die Helli Alter Brüchen, Erik. Hier jetzt auch meine Worte, die du über dich ergehen lassen musst, ob du willst oder nicht. Da das eh schon ein bisschen überflüssig ist und man ansonsten nicht so ganz dazu kommt, einem sowas zu sagen, gerade wenn man wie wir beide damit beschäftigt ist, die meiste Zeit entweder zu kuscheln oder zu knutschen oder Computerspiele zu spielen. Ja, musst du das jetzt einfach ertragen. Ich will dir einfach nur ganz groß und wirklich vom Herzen aus von mir Danke sagen, denn so wie ich es gerade gesagt habe, entweder ist man halt die meiste Zeit mit Computerspielen beschäftigt oder mit anderen Sachen in unserem Beruf und da ich ansonsten auch so jetzt nicht unbedingt der soziale Typ bin, kann ich mich nicht unbedingt als jemand bezeichnen, der viele Freunde hätte und ich will dir einfach nur ganz groß dafür danken, so dämlich wie das klingt, dass ich dich wirklich einen Freund nennen kann, den ich gefunden habe in diesem wilden Internet, in diesem wilden Western und dass es genauso ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle und auch wünsche, dass man sich so wie wir manchmal monatelang nicht sieht, manchmal auch nicht spricht und aber wenn man sich dann wieder hört, dass es genauso ist, als wenn man gerade erst letzte Woche miteinander das Wochenende verbracht hätte und dass wir immer wieder so schön Bock aufeinander haben. Dafür wirklich, 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 wirklich vom Herzen Danke, weil das finde ich selten und das finde ich wunderschön und das ist, ja, ich bin einfach sehr glücklich, würde ich glaube ich sagen. Ich bin sehr glücklich damit, dass du so bist, wie du bist und dass wir so gemeinsam sein können, wie wir sind. Oh Mann, ich kann das so gut machen. Ja, das sind meine Worte und ich hoffe, 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 dass ich davon noch lange zehren kann und dass es noch lange so erhalten bleibt und ich wünsche dir nur das Beste und ich grüße die Katje und ich grüße die Frau und bei allem auch hier und wünsche dir einen schönen Tag. Bis denn, dein Max. Ach, das ist ein Maxchen, oh Mann. Und wir hören es ja bald wieder. Och, das war ja so lieb, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Huch, hä, der Simon? Den habe ich vor 30.000 Jahren mal. Huch von was, was, Josi, was? Hallo, lieber Gronkh. Was passiert denn hier? Ich habe eine Anfrage erhalten per E-Mail, dass ich dir mal danken soll und zwar deswegen, weil ich mich öfter damit beschäftige und dafür einsetze, dass depressive Menschen ja eine Möglichkeit haben, mal sich wieder ein bisschen zu aktivieren. Und diese Zuschrift besagte, dass dein Channel oder deine Channels dazu geführt haben, dass derjenige sozusagen einen Lichtblick an jedem Tag hatte oder an den Tagen, an denen er was von dir sehen bzw. hören konnte. Ja, und das sollte ich hier weiterreichen und das tue ich auch sehr gerne. Es gibt gerade im Bereich von Computerspielen und auch Podcasting und in der ganzen Ecke gibt es immer wieder Leute, die nicht gern vor die Tür gehen oder die sich niedergedrückt fühlen, antriebsschwach sind und so. Und die dann teilweise selber sowas produzieren natürlich, weil sie das in der kontrollierten Umgebung ganz gut machen können und Computerspiele natürlich auch ablenken und helfen, sich auf irgendwas zu konzentrieren, um was hinzukriegen. Aber das Wichtigste daran ist, man kommt in Kontakt mit anderen. Also wenn das Multiplayer-Sachen sind oder wenn man sich darüber austauschen kann in Foren oder wenn man eben Videos gucken kann und kommentieren kann oder wenn jemand das Spiel spielt und man dabei zugucken kann, dann kann das schon das entscheidende bisschen sein, was manche Menschen wieder näher an einen Tagesablauf und Leben ranbringt. Was ein bisschen lebenswerter ist. Also deswegen danke ich dir sehr dafür im Namen deines Zuschauers und sicher auch der Zuschauerinnen und der anderen Zuschauer und Zuhörer, die das geil finden, was du machst. Und das war's. Ich bin Mark Benecke, Kriminalbiologe. Ja, ich weiß. Und ich freue mich, wenn Menschen ein selbstbestimmtes, freies, fröhliches, gutes, vernünftiges Leben führen können. Da hast du also offenbar mehreren Menschen dabei geholfen. Sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Hey, guck, ich bin's Barbara und ich wollte einfach einmal wirklich Danke sagen für alles, für deine Videos und einfach dadurch, dass ich im richtigen Moment über deine und eure, also vom HWSQ die Videos darüber gefallen bin, denn ihr und du, ihr habt, ihr habt mich aus so schwierigen Zeiten rausgeholt und mir gezeigt, dass man positiv wiedersehen kann und die schönen Seiten, das Licht in dem Dunkeln trotzdem irgendwie wiederfinden kann. Das Positive im Negativen. Ja, dafür einfach vielen, vielen Dank und einen riesen dicken Knuddler. Den hole ich mir aber ab. Hey! Ach, hey! Ach, was denn der? Was? Was? Hier ist deine, äh, fast Lieblingskapelle. Was? Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir endlich mal für dich ein Lied schreiben können, was nicht mit Geburtstag zu tun hat. Was passiert denn hier gerade? Ich habe gesagt, wir sollten irgendwas machen, was natürlich immer etwas schwierig ist, wenn man überhaupt gar keinen Fahrplan hat. Alles klar, aber wir haben gedacht, wir schreiben ein Lied für dich, was wir vorher auch noch nie gespielt haben. Lieber Gronkh, aus dem Schwarzwald, extra für dich, deine Kapelle. Drei, vier. Kapelle Petra. Gronkh im Schwarzwald, da ist er geworden. Gronkh im Schwarzwald, da hat er sein Herz verloren. Gronkh im Schwarzwald, da möchte er gern wieder hin. Gronkh im Schwarzwald, da kaufe ich mich ein, er sehr nett ist. Gronkh, alles Gute, tolles Leben und danke für deine 40 Milliarden Follower, die alle auf unserem Profil sind. Dankeschön, lübe deine Kapelle. Das krieg ich nie wieder sauer. Oh, hallo, Jerex. Oh, hallo. Was ist denn hier los? Gronkh, Mann. Schöne Grüße aus Berlin, von, äh, wer bist du? Schöne Grüße von uns, aus Berlin. Berlin, wir haben einen Anruf gekriegt und der hat gesagt, hallo, ich sage mal Grüße von Leuten. Warte mal, ich, was ist denn mit dem Fischi, warum? Hallo, hallo. Ich war es die ganze Zeit. Achso. Ja, liebe Grüße, du machst da, glaube ich, du machst da gerade ein Paket auf oder so oder du kriegst mehrere Grußbotschaften oder so. Zwei. Und, ähm, das, das Lustigste ist, wir wissen gar nicht genau, was wir sagen sollen. Ne, das stimmt. Außer, wie sehr wir dich lieb haben, natürlich. Wie sehr wir dich lieb haben, natürlich. Wie sehr wir dich lieb haben, wir haben dich lieb. Und, ähm. Komm, wir haben dich lieb. Wir haben dich lieb. Du warst gerade in Japan, ihr wart gerade in Japan, ne? Sag mal, was auf Japanisch? Äh, kunsthiwa. Nicht so. Warum denn nicht? Erst mal was auf Japanisch, sag schnell. Okay, und los. Argeto. Ich hab, ich hab, ich hab. Oh Mann. Okay. Warum hast du denn nicht? Okay. Achso. Was? Ich fand's gut. Ich fand's gut. Ja, find ich auch. Ähm, ich hoffe, es geht alles immer noch gut bei euch, bei dir, dann jetzt auch in nächster Zeit. Ja, wie man sieht, ne? Soll ich mal halten? Ach. Fertig, meine. 48 Kilo Kamera. Ja. Ist ja die große, die neue Red. Hast du dir gegönnt, ne? Ja, ich will. Ich vlogge jetzt nur mit der Red. Ähm, ja. Wir fahren jetzt nach Hamburg, das ist ja so ähnlich wie Japan. Ähm, deswegen sehen wir auch so reisig aus. Ähm, ich setz gleich meinen Sicherheitshelm wieder auf. Und dann geht's los. Äh, liebe, liebe Grüße aus dem Luft. Und macht es so, dass es gut ist. Hat ein sehr weiser Mann mal gesagt. Ja. Ja. Du? Äh, ich war das. Nein, war ein Kumpel von mir. Aber das war trotzdem sehr weise. Und wenn ich das wiederhole, bin ich auch sehr weise. Ja. Okay? Ganz viel liebis. Und denkt daran, auch ein Japanisch sprichwort sagt. Gudun no kanto na ya ho hai. Ist doch gar nicht so schlecht. Und was heißt das? Tschüss. Tschüss. Ich lieb. Tschüss. Ich liebis. Ich liebis. Hallo, liebe Erdn. Ach, hör doch auf. Guck mal. Deswegen waren die Zwillinge die ganze Zeit wach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch dabei sein dürfen. Ja. Und wir wollen dir nochmal danken, dass wir dich immer anspringen dürfen. Nämlich sehr bequem wird oben. Das hört sich jetzt aber aus Schmerz von dir deinerseits. Leute, die jetzt nicht Bescheid wissen. Nee, bis jetzt noch nicht. Und ja, wir kommen jetzt mal langsam zu Ende. Und wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Und dass es hoffentlich bald ist. Fühl dich ganz sehr gedrückt von uns. Und angesprungen. Und angesprungen natürlich. Das mach ich. Und es ist wie Blumen. Und wir wünschen dir jetzt noch viel Spaß beim Beitrag und ansehen. Und genieße es. Tschüss. Tschüss. Das ist echt so wie aus. Ach, Mensch. Selbstverständlich haben auch wir uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen, dir ein paar Grüße und Worte des Dankes darzulassen. Genau. Wir zwei haben natürlich auch ganz viel, wofür wir dir danken wollen. Also bei mir ist natürlich ganz klar, dass ich mich wohl auf ewig bei dir dafür bedanken muss, dass du mir damals den Weg geebnet hast, um aus meinem Hobby einen Beruf zu machen. Quasi hast du natürlich gemeinsam mit Sarah Zahr mir die Tür gezeigt. Da, Junge, musst du durchgehen. Und dann kannst du nach deinen Sternen greifen. Und ich sag dir, ich bin so durch die Tür durchgerannt. Einfach zack. Und mach's noch bis heute. Und dafür vielen, vielen Dank, Eva. Der Markel ist so lieb immer. So, und ich als Kreative möchte mich natürlich auch nochmal bedanken. Weil man merkt natürlich, wie unglaublich krass dein Einfluss auf die Künstler-Community ist. Wie viele Feltnerz entstehen. Und ich bin ja auch damals praktisch auf dich zugekommen mit Fanarts. Und dass ich letztendlich das Ganze so weit gekommen ist, sogar ein Musikvideo für dich machen durfte, was damals mein erstes Mal war, was tolles animieren zu dürfen. Und deine E-Motes auf Twitch machen zu können. Ja, ich brauche neue. Das war alles wunderschön. Und dafür... Ich brauche mal... Ich muss mal wieder welchen Auftrag geben. Jetzt zeige ich mir noch meinen Arsch. Ja. Lieber Kronkh. Ach, jetzt ist doch... Wir wollen dir heute eine Botschaft senden. Wir grüßen von ganzem Herzen dich, Lieber Kronkh, und Pandoria. Wir, Marmeladenoma und Enkel Janik, wollen dir danken. Wir werden dir für immer sehr dankbar sein. Durch dich und Pandoria wurde aus unserem kleinen Stream diese schöne Märcheninsel mit vielen treuen Fans, die mittlerweile aus aller Welt uns schöne Briefe senden. Danke für deine Hilfe, die du uns und vielen anderen Menschen gibst. Für mich wurde dies einer wunderbaren Sache an meinem Lebensabend. Bromance 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 Is The freaking bestest man's In the world In the world In diesem Sinne Hey, Erik, wir haben dir ein schönes Rätselpaket zusammengeschnürt und freuen uns natürlich, wenn du... Oh, das hatten wir gesehen. Schönen Gruß. Was? Fritz Cola? Was? 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 Ach cool, mit Franty Fire, ach cool. Okay, ich muss ganz dringend mit Poketil ponieren. Gut, dass die Kamera gerade über dem Fritz Cola Logo ist. Alter. Ich muss mit Poketil ponieren. Ich muss ganz dringend mit Poketil ponieren. Ich rufe gleich an. Lieber Erik, hier spricht deine Zwillingsschwester Doris. Ich wollte nochmal sagen, viel Spaß mit deinem Geschenk. Danke sehr. Tschüss. So lieb. Nun hast du also wieder eine Büchse der Pandora vor dir liegen. Hoffentlich fühlst du dich dem Öffnen auch gewachsen. Das ganze Detellect-Team wünscht dir auf jeden Fall alles Glück und vor allem allen Mut der Welt. Harvey drückt auch schon kräftig die Voten, äh, 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 Leute. Dass Harvey nicht existiert, das wisst ihr schon, ne? Also wenn wir darüber reden, dass, äh... Äh, Mist. Schön, der Schrei ist auch dabei. Ich möchte aus absolut hundertprozentig freien Stücken erklären, dass Harvey selbstverständlich existiert und dir auch alles Gute wünscht. Gut so, kannst du mich jetzt bitte wieder losbinden? Wir sehen uns gerade echt ein bisschen ähnlich. Was soll das heißen? Du bist ein Püschhase. Und wer hat dann jetzt gerade die Knoten gebunden? Wir sehen uns gerade ein bisschen ähnlich, glaube ich. Alter Schwede, ey. Stereo, was hast du getan? Hallo, ich bin der Stereo und auch von mir liebe Grüße. Ach, was? Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dem Paket. Wie schon bemerkt, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, das fertigzustellen. Wobei, das wäre auch viel schneller gegangen, wenn ich nicht nebenbei noch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hätte. Ja, was soll das denn jetzt? Welche ich jetzt, ähm... Ja, im letzten Monat erfolgreich abgeschlossen habe. Ja, ähm... Aber zurück zum Projekt. Es war mir eine Riesenfreude, das zu machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und, ähm... Ich würde sowas gerne weiterhin machen. Das ist alles so. Leider ist sowas immer sehr zeit- und kostenintensiv und, ähm... Ja... Wenn es da von irgendeiner Seite her Unterstützung gibt, ist das natürlich immer gern gesehen. Ansonsten, ähm... Kann man da natürlich auch gerne mit Spielfirmen zusammenarbeiten. Der Dedic hat jetzt schon den ersten Schritt getan. Vielleicht ist jemand interessiert. Das hat ja auch alles seine Vorteile. Ich meine, man kann... Statt sich selbst eine Geschichte auszudenken, wie in diesem Fall, könnte man ja auch sagen, man geht bewusst irgendeinem Geschichtszweig nach, der nicht genau im Spiel, ähm... Ja, angesprochen wird und erläutert den ein wenig näher. Könnte das durch ein Paket ersetzen und, ähm... Wenn man als Spielefirma schon die Sprecher vor Ort hat, kann man natürlich auch da, ähm... Dann meine Sätze mit einsprechen lassen oder man kann auch das Merch, was dazu produziert wird, effizient mit einsetzen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Idee, ähm... Wenn da irgendeine Spielefirma Interesse dran hat. Wie gesagt, ich habe jetzt ausgelernt. Ich bin gelernter Industrie-Kaufmann. Und, ähm... Ja, wenn es nach mir geht, ich würde gerne diese Pakete mein Leben lang packen. Und das macht mir einfach mega viel Freude. Und ich hoffe, ich habe euch auch eine Freude machen können. Vor allem dir, Erik, und auch dem... Ja, geht so. Ihr müsst jetzt das ja nur den ganzen Abend ertragen. Ähm, ja. Alter. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend auch weiterhin noch und vielen Dank fürs Ausmachen. Liebe Grüße. Ein Job für Stereo at Web.de Falls ihr auch mal ein Paket haben wollt. Aber lieber Stereo, ich weiß gar nicht, wer noch wach ist. Ist das Stereo noch wach? Ich habe den Zwillinge gerade noch aufblitzen sehen. Jetzt weiß ich auch, warum sie heute durchgehalten haben. Vielen Dank fürs Spielen. Mann, vielen Dank fürs Machen. Es wird Zeit, mich langsam auszusprechen. Die Jahre vergingen, konnte nicht ohne euren Content lächeln. Hatte Panikattacken, die mich fertig gemacht haben. Die mein Leben bestimmten, ohne wenn und aber. Dann plötzlich kamt ihr beide in meinem verkackten Leben. Ich stand guter vor mir mit meiner Psyche. Das Leben zu näher kam der Tag. Ich haute, komm, du hast mich sofort gefesselt. Was ich dachte, hallo und so, am Ramm zurück. Ein Lächeln, das hatte mich doch dann ziemlich krass überrascht. Dachte, dass ich es verlernt habe, dass ich glücklich sein kann. Und wie soll es auch anders kommen über die Zeit? Ich habe mehr gelacht, als da zu sitzen und zu weinen. Ich erinnere mich zurück, als du auf Twitter angefangen hast und die Leute deinen Donation-Link herausgefunden haben. Als die ersten Spenden kamen, du warst ziemlich perplex und zugleich peinlich berührt und dachtest, was für ein Dreck. Danke, dass ich dich gebe. Danke dafür, was du machst. Konkherz ist das Mindeste, was du heute verdient hast. Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann. Auch du warst ganz unten. Du konntest danach aufstehen wie ein Mann. Danke, dass ich dich gebe. Danke dafür, was du machst. Konkherz ist das Mindeste, was du heute verdient hast. Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann. Auch du warst ganz unten. Du konntest danach aufstehen wie ein Mann. Die Zeiten mit Walle und Rumpel, Let's Play, Together, waren lustig und schön. Scheißegal, bei welchem Wetter oder wie du dich nicht getraut hast. Live was zu essen. Diese Zeiten bleiben mir in Erinnerung. Das werd ich nie vergessen. Und dann kam der Tag, als du Funk gehostet hast. Ich war super erregt und dachte, was ein geiler Mann. Und seitdem bin ich ein Teil des vollen Mobsgeschwaders. Über 5 Jahre mit Witz zu flacher als ein Tieflader. Seitdem du 400.000 Abos hast, verfolge ich dich. Und dazu gehört auch jede Minecraft-Folge zu sehen. Ob es Kingdoms auf Amalowa oder Witcher 3 unter Gaming. Opa zusammen wurde bei Life is Strange geweint. Danke für den Content und die Zeit, die du für uns investierst. Das ist nicht selbstverständlich. Wir leben leider nur zu Kriptier. Ich hoffe, du bleibst uns noch viele schöne Jahre erhalten. Ob Schildkröten, Motivation oder Ameisen320. Danke, dass ich dir gebe. Danke dafür, was du machst. Konkherz ist das Mindeste, was du heute verdient hast. Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann. Auch du warst ganz unten und konntest ennah raufstehen wie ein Mann. Danke, dass ich dir gebe. Danke dafür, was du machst. Konkherz ist das Mindeste, was du heute verdient hast. Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann Auch du warst ganz unten, du konntest danach aufstehen wie ein Mann Danke dir Bronk, danke dir Erik Dafür, dass du uns wirklich jeden Tag mit etlichen Videos den Tag versüßt Dass du so ein geiler Mensch bist Dass du wirklich seit Jahren Ey, wirklich Junge, du bist unglaublich Danke, einfach danke Und der Song, ich musste den Song machen Weil wirklich nach all dieser Zeit Ist wirklich ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich Das Mindeste, was man dir zurückgeben kann Bronk Herz in den Chat, Leute Lass uns diesen Mann nochmal richtig schön feiern Aber ich kenne ihn, ich kenne ihn auch nicht Danke, dass ich dich gebe, danke dafür, was du machst Bronk Herz, ist das Mindeste, was du heute verdient hast Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann Auch du warst ganz unten, du konntest danach aufstehen wie ein Mann Danke, dass ich dich gebe, danke dafür, was du machst Bronk Herz, ist das Mindeste, was du heute verdient hast Du bist einer derjenigen, auf die man aufsehen kann Auch du warst ganz unten, du konntest danach aufstehen wie ein Mann Danke, dass ich dich gebe, danke dafür, was du machst Was soll denn jetzt noch kommen Es kann einfach nicht mehr Das ist, glaube ich Der Clip geht schon fast 30 Minuten Ja Boah Ja, ich habe ein bisschen Schweiß im Auge gerade Was ist denn da los Ähm Ja Das Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich kann doch mit sowas nicht umgehen Ich kann doch nicht mal Das hast du immer bei uns, glaubst du ja nicht Ja, Manu Ich Alter Das hat mich ein bisschen fertig gemacht Ja, was Jetzt Jetzt habe ich alles erreicht Jetzt kann eigentlich Das kann eigentlich Ich glaube, das kann nichts mehr toppen Ich glaube Ich glaube, da Das ist jetzt Nochmal von vorne Gut, ich warte Ich packe eben die Geschenke nochmal ein Oh, warte Ich hab Das ist doof Das Blöde Oh, das Blöde ist, wenn man die ganze Zeit sitzt und schwitzt Und dann fängt man jetzt noch ein bisschen zu heulen Dann ist das nicht gut Weil jetzt der ganze Schweiß in die Augen geht Und ich habe eine Zwangsjacke an Und ich kann leider das Ding nicht aufmachen Warte, ich muss ganz Ich brauche Oh, ich muss eben ganz kurz eben Mist, ich kriege das Ding hier auf Und da hin, was hat die Pan gemacht Warte Warte, ich So Nein, was hat denn die Pan da hinten fabriziert Das Internet hat nicht verweichlicht Nein, ich war schon immer so Ich war schon immer so Ähm Das sind über berühmte letzte Worte Boah Okay Aber das Wichtigste Nein, die hat die Knöpfe auch zugemacht Oh Gott Okay, warte ganz kurz Jetzt muss ich mal ganz kurz eben Boah So, Entschuldigung Das war zu viel Das war wirklich zu viel Boah Ich habe mit viel mit dem Paket gerechnet Aber Das hat mich alles einfach komplett umgehauen Das hat mich einfach komplett umgehauen heute So, warte kurz Boah Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe Es ist mir gerade auch ein bisschen egal So, ich kann mit zu viel Zuneigung nicht umgehen Nee, das kann ich nicht Das geht einfach nicht Ähm Huch warst du mit dem Friseur Wer ist das? So, warte Oh Gott, warte, warte, warte Äh Die Haare liegen richtig flach an Ja, ja, ich habe die auch richtig Ich habe richtig schön geschwitzt Und in der Perücke Oh Gott So Jetzt Das war eine tolle Idee Mit dem Oh 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 Gott Oh 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 So, ich hoffe Ich hoffe, mir ist niemand böse Wenn ich das ganz kurz ausziehe Ich muss mich ganz kurz sortieren Vielen Dank Ich Ich habe nicht mal Ich habe Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich möchte mich bedanken Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie Boah, da war so viel einfach Da war einfach Boah, da war so viel drin Ich hätte nie Niemals Nicht mal ansatzweise Mit irgendwas in der Richtung gerechnet Und das waren angefangen Mit den ganzen Crossovers In dem Spiel Und so weiter Alleine, dass es ein Spiel ist Alleine Wie viele Leute da mitgewirkt haben Wie viel mitgemacht haben Was da organisiert wurde Wer da alles mitgemacht hat Auf welche Arten Auf welche Weisen Auf Boah Oh Ich darf gerade nicht Ich habe Popel in der Nase Wenn ich jetzt Das wäre nicht so gut Okay Das erste, was ich jetzt mache Warte, ganz kurz Ich muss eine Sache ganz kurz gucken Nein, Mist Unity Resources Aber kann ich mir die rausziehen? Ich will mir Ich will mir Sachen klauen Aus dem Spiel Ich will mir Sachen klauen Ja, lieber Stirio Die Farbflecken auf dem Shirt Ist das schweiß Ne, das war eigentlich weiß Aber ich hatte eine Badebombe Und ich habe mich aber nicht abgetrocknet Ich hatte es eilig Ja, entschuldige, dass ich doch wieder Acht Stunden werde Ja, schwierig Ganz schlimm Stirio Das waren ja acht furchtbare Stunden Wirklich So Und außerdem Ja, man kennt es ja nicht anders War ein sehr kurzes Spiel Ich habe es aus Versehen durchgespielt Ähm Ne, was ich sagen wollte Lieber Stirio Ähm Ja, ich Habe keine Worte Mit denen ich mich bedanken kann Ich habe einfach Ich bin bar Jeder Worte Die mir einfallen würden Alles, was ich jetzt sagen würde Wäre, glaube ich, irgendwie Es wäre alles nicht angemessen Es wäre alles nicht ausreichend Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Ich weiß es einfach nicht Das Fallout-Paket Das war unglaublich cool Hat unglaublich viel Spaß gemacht Da waren unglaublich viele Details drin Und so weiter Aber dieses Paket Das hat mich einfach emotional Emotional so Äh Ja, das war right in the feels Quasi Das war wirklich right in the feels Das war Am Anfang war das alles sehr lustig Und so weiter Und dann war es jetzt Am Ende war es dann noch ein bisschen Nicht dran denken Nicht dran denken Puh Ähm Ja, Sirio Ähm Lass uns das mal öfter machen Und Wir Wir kriegen da schon was hin Also du hast mich Auf jeden Fall als Paketbesteller Sehr gewonnen Es muss auch nicht jedes Paket So übertrieben sein Wie das hier Keine Sorge Ähm Aber ich glaube Ich würde gerne mal Ein Grim Tales-Paket In Auftrag geben Ähm Das ist glaube ich Das Mindeste Was ich tun kann Vielleicht mich daran zu beteiligen Irgendwie Oder irgendwie auszuhelfen Dir da irgendwie Dass du da Fuß fassen kannst Wir kriegen da bestimmt was hin Und wir haben ja auch noch Ne Wir haben ja immer noch Die Connections auch Ich glaube Bethesda hat das mit Fallout Ich weiß gar nicht Wie wir das hin mitbekommen haben Aber ich glaube Da kann man auch mal gucken Ob man da vielleicht was machen kann Oder wie gesagt Als Teil vielleicht Vom Spiel Wobei das schwierig ist Ich glaube da müssen Entwickler sich drauf einlassen Große Übersee Ist immer schwierig Bei internationalen Bei sowas wie Deadly Ist es natürlich leichter Oder vielleicht THQ Kann ich mir vorstellen Dass sie da Was machen würden Eventuell Ähm Boah Ich bin gerade erstmal Boah Alter Ja Das war das So ich mach mal ganz kurz Was ist denn das Ach ja da war ja noch was Mit dem Licht Ja ja Später So So Ähm Schön Gut Den Kaya Dem Kaya muss ich noch Zurückschreiben Ich hab ihm im Urlaub geschrieben Aber dann Ich hab da ein bisschen Abstinenz gemacht Das wusste aber auch Ähm Ja die Hella muss ich tatsächlich Da muss ich auch noch Zurückschreiben Äh Und ich muss Poki anrufen Da sind Dinge passiert Hat der Poki hat geheiratet Mann Der Poki hat geheiratet Ich mein ganz ehrlich Es war ja vorher eigentlich schon so Aber jetzt ist es halt official Der Poki hat geheiratet Ah Ja Ach schön Und das Och man Und ganz ehrlich Das was der Funk gesagt hat Ich kann das so gut Ich kann das wirklich so gut Nachvollziehen Es geht mir da wirklich Genau wie ihm Also wir sitzen da komplett Ich kann das so gut nachvollziehen Ich bin Ich weiß nicht ob es die Zeit Mit mir gemacht hat Aber ich bin inzwischen Auch nicht mehr so der sozialste Mensch Irgendwie Ich glaub man weiß es ja Ich bin auch ein bisschen Zurückgezogen und so Außer natürlich bei Gamescom Und sowas Na klar Aber ich bin inzwischen Auch ein bisschen Zurückgezogen Weil Ich glaube ich Ich wurde zudem gemacht Ach das Edna Lein Du bist immer noch wach No Das Edna Lein Ich weiß ob du immer noch wach bist Ich hoffe du hast es gesehen Das war wirklich Wirklich toll Am seidenen Faden Das war wirklich toll Oh Ja Jedenfalls Was ich sagen wollte Ich bin ja inzwischen Auch nicht mehr so der sozialste Mensch Bipapo Da hat sich ja wirklich In den letzten Jahren So ein bisschen was geändert Ist auch dahingestellt Warum Das ist ja Wurst Ähm Aber Bei mir ist es ja genau so Weil ich Ne Ich kann mich auch nicht immer Melden Bei mir dauert es manchmal Ein bisschen Aus Gründen Und ich weiß es so Unglaublich zu schätzen Ich weiß es so Unglaublich zu schätzen Mit dem EOS Andy zum Beispiel Ist es halt auch so Ähm Man meldet sich Und es ist einfach so Ohne Zwang Ohne irgendwas Ohne Erwartungen Ohne bla Man meldet sich Es ist einfach sofort wie immer Egal wie viel Zeit vergangen ist Egal was La Es ist einfach so Und das ist Das ist halt Ähm Das ist so eine Eigenschaft Die weiß ich so Unglaublich zu schätzen Weil es mir natürlich auch Selber nicht so geht Äh ne Weil es mir auch selber so geht So Entschuldigung Boah Alter Schwede Alter Schwede Hast du das Gefühl Mit all deinen Freunden Es sind nicht viele Also ich Ich hab nicht Ich hab wirklich nicht viele Freunde Ähm Ich hab zum Glück In letzter Zeit Welche dazu gewonnen Sonst wär's Ein bisschen traurig gewesen Ähm Aber Äh Ja Das ist Bei allen Diesen Freunden Ist das wirklich genau so Das ist keine Eigenschaft Das nennt man Freundschaft Ja Aber Aber ja Aber es ist Ich weiß nicht genau Es ist vielleicht heute nicht mehr so selbstverständlich Ich weiß es nicht Ich finde das eigentlich schon Aber irgendwie auch Irgendwie scheint es nicht so Ich weiß Äh Ja Jedenfalls Äh Puh Zwei Stunden Weißt du noch Wie ich vor acht Stunden gesagt Nee vor sechs Stunden gesagt habe Ach acht Stunden Das reicht ja locker Der Zeitgeist sieht das anders Aber ich teile dann eine Auffassung von Freundschaft Meine Freundschaften finden aber tatsächlich auch Also klar zum Teil Online statt Aber Eigentlich nicht Ich weiß wie ich das sagen soll Also man schreibt sich schon mal online Aber es ist aber eigentlich nicht online So Ja Festplatte kein Problem Zwei Stunden habe ich noch Um wieder klar zu kommen Ich will die Karten hier gar nicht wegräumen Ich muss die wegräumen Aber ich will die eigentlich gar nicht wegräumen Boah ich Lieber Styrio Ich werde dieses Paket Und diesen kleinen USB-Stick Diesen kleinen unscheinbaren USB-Stick Von vorhin Äh Ich werde dir sehr in Ehren halten Die werde ich sehr in Ehren halten So Nur weil jemanden ein Jahr nicht sieht Heißt das nicht Dass er sie kein Freund mehr ist Und das sehe ich halt Absolut genauso Die Zeit spielt aber eigentlich Keine Rolle So wie mache ich das jetzt Da sind Dorgelbecher und so Ich Spiele die ganze Zeit Voxeltaquen Merilu Dankeschön Merilu Das war unglaublich Ja Ja Sagen wir mal Ich habe es ja schon Im Stream ein paar Mal erwähnt Sagen wir mal Die letzten Jahre Waren anders Als ich mir das alles Eigentlich immer vorgestellt habe Und Ich habe es ja heute schon gesagt Dass ich heute auch so früh angefangen habe Zu streamen Weil ich selber Weil es für mich auch Ablenkung ist Und tatsächlich war das Stream für mich immer so ein bisschen Ja Vielleicht auch ein Ankerpunkt Weil Ich habe ja viel erzählt glaube ich Im Stream auch Mehr als ich eigentlich erzählen sollte Erzähle ich immer im Stream Aber Gerade die letzten Jahre Mit dem ganzen Mit dem ganzen Anwaltsgedöns Und Pipapo Das hat sich alles in der Richtung entwickelt Das ging alles weg von Von Spaß Von Kreativität und so weiter Das habe ich euch ja oft gesagt Das ist halt die Zeit In der hier Die Haare grau geworden sind Und das sage ich nicht aus Spaß Das ist eine Tatsache Die sind wirklich In diesen Jahren grau geworden Ähm Was ja auch seine Gründe hat Das passiert ja nicht einfach so Wo du dann Teilweise Ihr kennt das wahrscheinlich selber Wo du Nächte lang nicht schläfst Wo du die Wo du nächtliche Spaziergänge machst Um klar zu kommen Ähm Was ich sagen wollte Deswegen War das gerade am Ende Ja 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 Sekunde Ich bin nicht sehr gut In sowas Vielleicht liegt es auch In der letzten Woche Dass ich vielleicht wieder etwas Äh Ja Naja Wem will ich belügen Ich bin schon ein bisschen Ein emotionaler Mensch Es ist Ja 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 Denkst du jetzt an was Gutes Oder was Verlorenes Nein ich denke gerade daran Ich denke gerade an das hier Das was wir gerade am Ende da Und auch das hier Ja So Gut Entschuldigung Gut Entschuldigung Habe ich vielleicht ein Kloß im Hals Ich weiß es nicht Vielleicht ein Klöpschen Ja Musst du noch arbeiten gehen Du ich habe meine Nachtschicht gerade hinter mir Ich äh Es ist okay Ich muss heute nicht mehr arbeiten gehen Ja Hätte man das auch geklärt Schön dass ich mal ganz offen darüber geredet habe Schön dass ich mir endlich mal Ein bisschen Luft geredet habe Oh Mann ey Das war wirklich 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 Ich habe keine anderen Worte dafür Außer zu sagen Das war wirklich sehr schön Das war wirklich Und die Natti ist auch da Habe ich gerade gesehen Liebe Natti Hi Schön dass du Ich freue mich immer Wenn du mal wieder reinlugst Wenn mal wieder so ein Lebenszeichen von dir kommt Auch auf Twitter Freue ich mich immer Mach schon Platz Ich bin der Landfuhr Bibi Lein Auch dir Dankeschön Dankeschön Bibi Lein Viel viel Dank Oh Mann Oh Dir ist bewusst geworden Wofür du das alles machst Nein danach Das wusste ich ja schon Das wie gesagt Das weiß ich jeden Freitag immer ein bisschen Also ein bisschen Also meistens sehr oft Aber ja Ich Es wird mir immer wieder vor Augen geführt Von gewissen Von einem gewissen Liebreizenden Mobbing Chat Ich sag ja Die Streams sind für mich auch ein bisschen Gerade eben Hieß es Ich würde Leute Vielleicht ein bisschen Was komisch ist Ich mach das eigentlich gar nicht Aber Ne Therapieren In Anführungszeichen Aber eigentlich Es ist wie die Umarmung Es ist halt keine Einbahn Keine Einbahnstraße Es ist glaube ich Die Freitag Streams sind für mich Äh Hat uns durchs ganze Spiel getragen Ja Wenn du jetzt noch ein Rad schlägst Haben wir ein Trinkspiel gewonnen Das tut mir leid Wenn ich hier ein Rad schlage Dann reiß ich alles um Inklusive mir selbst Wahrscheinlich Nicht Andere nennen es Ratschlag Ich nenne es Selbstverletzung Jetzt weiß ich warum du dich von Hass ernährst Du kommst mit zu viel Liebe Nicht so gut klar Ja das ist tatsächlich wahr Ich äh Ich bin komisch Ich bringe nette Sachen Wenn Leute nette Sachen über mich sagen Bin ich nicht in der Lage Das mit mir In Einklang zu bringen Also das auf mich zu beziehen Ich bin dazu nicht in der Lage Ich kann das nicht Falls Leute mich nach dem Nach meiner Bodenständigkeit fragen Ich weiß nicht genau Ob das so ist Ich kann es selber nicht beurteilen Ähm Ich glaube es liegt Größtenteils daran Es liegt glaube ich An dieser Psychologischen Fehlstellung Die ich habe Oh Das ist unglaublich Jetzt wird nur noch ein Your Breathtaking Das hat man ja heute schon Das hat man ja schon Ja So Ich wollte die Karten zusammen Entschuldigung So Es gab eine Power-Up-Karte Stereo Da geht aber noch mehr Eine Power-Up-Karte Um einen Punkt So warte Ich sortiere nach Farben Das Dunkelblau nach hinten Das kommt hier hin Da kommt das hin Da kommt das Lilla hin Äh Da muss man Wobei ich Edna am liebsten Obendrauf hätte Ich mach dann einfach Ich sortiere doch nicht nach Farben So Jetzt schaltet die Cam scharf Ja ja was Toll Danke liebe hilfreiche Cam Huch Hyper-Rise Dankeschön Hyper-Rise Entschuldigung Ich hab es gerade nicht komplett gelesen Entschuldigung Nicht böse sein Ähm Lieber Hyper-Rise Vielen, vielen Dank So jetzt aber erstmal Spoiler Ich sehe die Mangas immer hinten drin Bitte beginne mit der Jetzt macht der Schaf Jetzt macht der Schaf Das glaubt man ja gar nicht So warte ich mach so Was für eine Reise Was ich übrigens auch nicht realisieren kann Was ich Ähm Was ich überhaupt nicht klarkriege mit meinem Kopf Ich sage zwar öfter Wir machen das schon 10 Jahre Ne Das sage ich ab und zu mal Aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe Mit meinem Kopf Zu raffen Wie lange 10 Jahre eigentlich schon sind Wie alt ich war Als ich angefangen habe Wie alt ich jetzt bin Wie alt du warst Als ich angefangen habe Wie alt du jetzt bist Dass inzwischen Familien zugucken Die in der Zeit Sich gefunden haben Geheiratet haben Kinder bekommen haben Das geht mir nicht in den Kopf Das geht mir nicht in den Kopf Das ist eine Sache So guck mal So das war Hier die Kämpfe von heute Das sind unsere Kämpfe Und dann haben wir hier noch Ne das war der eine Und hier war noch gerade Das war der Endkampf Dafür brauchte ich Das musste ich mir ein bisschen Um das so fette zu kriegen Musste ich hier in Reihenfolge schreiben Bibilein Nochmal ganz lieben Dank Ganz ganz lieben Dank So Wir müssen an die Songs kommen Ja ich brauche Ja ich muss irgendwie Ich muss irgendwie die Dateien auseinandernehmen Oder ich muss den Stereo mal fragen Ob der das schicken kann Und das Enderlein schon wieder Wenn ich mich noch ein Traum machen War Was Diesen Gron Ist die andere Na Ich sitz hier nur Ich will hier nur sitzen Ja Übrigens auf Ebay verkaufe ich jetzt Sehr interessante Unikat Mod Gläser Ja da habe ich jetzt Ungefähr ein Dutzend Auktionen laufen Eieieiei Eieiei Uff Fängst du spiel damit an Was Was Der Notfallordner Ne im Spiel war was mit der Notlösung Du musst mal in die Notlösung gucken Achso warte mal Notlösung Notlösung Oh in der Notlösung ist alles drin Die Credits.mp4 Lade ich gleich mal auf den Channel hoch Alle Sounds EK Bild 1 Adrians Zelt Ebene E Ebene X Ebene Y Ebene Z Intro Und Kartentexte Ah Süße Natti Ah Süße Natti Dankeschön Wenn der Humor schon wieder geht Hast du dich ja wieder gut erholt Der Humor geht bei mir immer Das ist das Einzige Was bei mir wirklich immer funktioniert Egal Egal wie es mir geht Der Humor ist Ein bisschen Antrieb Aber auch ein bisschen Ja nicht Notbremse Sondern die Notzündung Manchmal Und ich bin da wirklich sehr happy drüber Dass ich das habe Da bin ich sehr glücklich drüber Du wirkst ziemlich fertig Ich frage mich warum Ich frage mich warum Also ich gehe jetzt noch Meine Mobs Challenge machen Natürlich Klar Ich gehe jetzt nämlich Bestimmt ungefähr 300 Mal Auf irgendwas rumkauen Also ich muss noch Ich muss irgendwas essen Gleich auf jeden Fall Lädst du den Stream hoch Auf jeden Fall Den werde ich sowas von hochladen Wir haben noch zwei Stunden Wie spät ist denn das? Es ist halb acht Was? Es ist halb acht Kendo Dankeschön Lieber Kendo Dankeschön Entschuldigung Ich lese gerade wenig Ähm Was? Ich bin die letzten Tage Immer so um elf schlafen gegangen Oder so um zwölf Um zwölf schlafen gegangen Und bin früh aufgestanden Spätestens um neun Das war's 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 Schön 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 Da kann ich ein ander Das wertvollste bekommen Überhaupt auf der ganzen Welt Was ich Und ich glaube Es wird nicht mehr besser In diesem Leben Es kann einfach wenig kommen Gut Zwei drei Sachen Gibt's wahrscheinlich noch Die das vielleicht noch Toppen können An persönlichen Ereignissen Aber Mann Oh Mann Da fahr ich gleich Aber wieder Fahr ich gleich wieder In Urlaub Och Mann Ey Was ist los Ja die Motschi Es geht um die Motschis Die waren mir wichtig Der Rest ist Pille Aber die Motschis Bibilein Da ist Bibilein Nochmal was Ich bin die Achso Stimmt Die Tänzerin Die Bauchtänzerin Ne Wenn ich mich nicht täusche Oder Ich hoffe ich verwechsel das gerade nicht Aber ich bin auch gerade durch Ich glaube Deadly Ist endlich schlafen gegangen Ne Der Steffen Oh nochmal Beste Grüße Vom neuen Deadly Community Manager Stellvertretend Für das ganze Team Hat Spaß gemacht Oh Ein wenig Stereo Ein wenig auszuhelfen Aber ich werde garantiert Nicht mehr die Existenz Von Harvey leugnen Ach du warst das Penta Da wurde der Penta Gerade vermöbelt Wir sahen uns am Ende Ziemlich ähnlich glaube ich Aber du wurdest verprügelt Ich wurde nur emotional verprügelt Auf die gute Art und Weise Puh Boah Was ist hier gerade passiert Was ist hier gerade So Okay Wir haben hier noch Das Karten Der hat gerade scharf gestellt Ich habe es genau gesehen Der hat gerade scharf gestellt Aber vielleicht weil es Es wird draußen nicht wieder hell Ich mache das nachher Okay Wer oder was ist Harvey Harvey ist ein psychopathischer Hase Der alles brennen sehen möchte Um das mal zusammenzufassen Es ist draußen schon hell Echt Ich sehe nichts Also hier noch nicht Oder das Licht ist jetzt so hell Ich habe das Licht ja sehr hell geschaltet Jetzt Geh dich gleich in den Regen stellen Ich glaube das mache ich auch Funk hatte das Feuerzeug Es gibt Parallelen zwischen Funk und Harvey Das ist mir aufgefallen Da gibt es wirklich Parallelen Ich meine guck dir einfach einen Stream vom Funk an Michael Lieber Michael Ich bedanke mich bei dir Liebe Grüße nach Österreich Schau dir mal einen Stream von Funk an Und dann sag mal Lass uns den Mond anzünden Das hört sich fast ähnlich an auch Wie viel Uhr dachtest du Ist es gerade Ich habe vielleicht gedacht So 4, 5 Also ich wusste dass es spät ist Aber ich wusste nicht dass es früh ist So Kabel ist immer noch nicht gut Ähm Lolli auch dir nochmal ganz ganz lieben Dank Ganz ganz lieben Dank Das war wirklich äh Ach Mauritania Ne Mina Die Mina aus Stuttgart ist das gerade Ach Mann Aber ich mache doch nichts Ich bestehe immer noch drauf Dass ich nichts mache Außer hier sitzen und spielen Und andere Dinge Aber die merkt ihr nicht Das zählt nicht dazu in dem Fall Gut inzwischen sehe ich ein Auch andere Dinge Aber Oh Da fällt mir gerade was ein Bei der Musik Wir machen auch gerade noch was anderes Für nächstes Jahr schon Ich höpfe Da werden sich viele Leute drüber freuen Das wird was Größeres Und ich hoffe da werden sich viele Leute drüber freuen Ein Hip-Hop Album Es ist ein Hip-Hop Album Ja Das ist genau Das ist genau das was da kommt So Ja ein Kind Es arbeiten mehrere Leute drin Also an dem Projekt arbeiten mehrere Leute Es muss ein Kind sein Klar Nee 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 Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Da freuen sich Einige Leute Zwei Projekte Die doch verschwiegen werden Ja Das ist richtig Das ist wohl wahr So was machen wir jetzt Gehe ich jetzt offline Ich weiß nicht wie ich jetzt offline gehen soll Ich müsste eigentlich Und ich muss auch was essen unbedingt Ähm Oh eine Sache noch Ich weiß Viele Leute schlafen inzwischen Das ist okay Ähm Ich bin vor kurzem erwachsen geworden Und ich möchte euch davon erzählen Abgesehen davon Dass ich glaube Erwachsen sein Heißt letzten Endes eigentlich Ruhig das Kind bleiben Das man war Aber Verantwortung übernehmen Für viele Dinge Das zu lernen Ich glaube Ja Damit kann ich meinen Frieden machen Dass ich vielleicht doch irgendwo erwachsen geworden bin Sonst habe ich immer drauf gewartet Ähm Aber Vor kurzem War ich Mal wieder Ja wir waren Wir waren zusammen einkaufen Und dann habe ich gedacht Weißt du was So Weil auch wegen der ganzen Plastikdebatte und so weiter Habe ich gedacht Weißt du was Ähm Du holst jetzt mal keine abgepackte Wurst Und keinen abgepackten Käse Wie sonst immer Sondern Und ich bin eigentlich so Ne Ich bin eigentlich so Also ich kann immer an der Kasse und so Kann ich immer quatschen Witzchen machen und so Das klappt immer ganz gut Aber wie gesagt Ich scheue eigentlich eher so Diese soziale Komponente Ein bisschen inzwischen Ähm Was eigentlich doof ist Aber Ich bin dann einfach mal Fest entschlossen Jimbo Jones Dankeschön Ich bin ähm Fest entschlossen Das habe ich nicht zum ersten Mal im Leben gemacht Aber diesmal mit anderem Hintergedanken Ich bin einfach mal An die Wursttheke Und an die Käsegetheke gegangen Und habe mich informieren lassen Und da ich Keine Ahnung habe Wie ich da bestelle Ob mache ich das in Gramm Wie viele Scheiben Was ist zu viel Was ist zu wenig Ich habe da keine Erfahrung mit Ähm Habe das nie beigebracht bekommen Ähm Und es war wirklich toll Ich habe kleine Gespräche geführt Ich habe mir das in Papier abpacken lassen Kein Plastik mehr Und ich habe jetzt ungefähr Den geilsten Käse zu Hause Mit dicken Scheiben Und nicht mal diesen überteuerten Abpackkrams So Und äh Wurst Gute Wurst So Sehr gute Wurst So Ah ja hier Den können wir Ne den haue ich gleich raus So Zwei Kilo Wurst ist okay Na gut Käse war ein bisschen viel Muss ich sagen So Und Leute die vielleicht Die Erfahrung haben Mit Käsetheken und Wurstheken Und denken Wie lächerlich ist das denn Der Typ ist ne Guck dir den mal an Andere Leute sind anders aufgewachsen Als du So Sehenlos Dankeschön Lieber Sehenlos Vielen Dank Andere Leute sind Äh Anders aufgewachsen Und ich war sonst immer so ein Ich war sonst immer so ein Abpacktyp Immer so Ach komm hier Plastikpackung Nimm mit Nimm mit Shadow Slayer Dankeschön Lieber Shadow Slayer So Und jetzt Äh Habe ich das Äh Ja Da habe ich mich Voll erwachsen gefühlt Einfach nur weil ich es so gemacht habe Und das war echt toll Und jetzt habe ich mir vorgenommen Ich mache das nur noch so Ich mache das Äh Ich mache das nicht mehr anders So Auch wenn ich das jetzt noch lernen muss Aber dann lerne ich das jetzt eben Du hättest quasi eine Aufschnittoffenbarung Ja das ist richtig Und deswegen habe ich mir auch Veganer weghören Deswegen habe ich mir Langem auch mal wieder Ordentliche Holzfäller Steaks geholt Ich hatte schon lange Kein Holzfäller Steak mehr Habe ich einfach mal gemacht So Und es hat echt Spaß gemacht Mit den Leuten zu quatschen Ein bisschen Ich habe die Käsefrau einfach mal gefragt Die Dame an der Käsetheke Habe ich gefragt Und ich bin mir immer noch nicht so sicher Die Mehrzahl von Käse Und es ist mir egal Was davon richtig ist Und was falsch Die Wahrheit ist mir egal Ich bestehe darauf Dass die Mehrzahl von Käse Ab sofort Käses ist Ich möchte gerne zwei Käses Weil ich finde Ich finde Käses einfach toll Ich mag Käses Mach schon Platz Ich bin der Landfugt Mr. Waltiel Dankeschön Käses Ich finde Käses gut Ich werde ab sofort Nur noch Käses sagen Ihr könnt Käsen sagen Das ist okay Ich sage Käses Gaston auch dir Dankeschön Lieber Gaston Ja Ach schön Hat mich sehr Also hat mich Das war Ich fand das gut Hm Was Ich kam mir nur einmal erwachsen vor Total assi zum Möbelladen gegangen Nach der Arbeit Bestimmt auch nicht so angenehm duftend Für 2000 Hatten sie für 2000 Euro Bar Sofa und Sessel gekauft Der Verkäufer hat mich dumm angeschaut Schön Das ist auch sehr sehr schön Puh Erinnert mich an die Geschichte Als wir ein Bett kaufen wollten Ähm Wir wollten ein Bett kaufen Und haben uns beraten lassen Ich glaube Tati hat die Story Schon mal erzählt Und Da wurde uns irgendwie so eine Diese Dingensmatratzen da Ich habe vergessen wie die heißen Tolle Matratzen Sind super Spitze Schaum Keine Ahnung Ähm Lachs Schaum Matratzen So Und ähm Wir wollten uns Bett kaufen Und dann hat die uns irgendwie Äh Ne nicht Boxspring Sondern irgendwas anderes Neues Dingens Keine Ahnung Damals Ist ja schon ein bisschen her Ähm Und jedenfalls hat die uns ein Box Äh ein Bett empfehlen Wie viel hat das gekostet? Und die hat uns ein Verkaufsgespräch gemacht So Ja und ein Bett Ist ja auch was Da schlafen dann ja auch noch Neh Wenn man später mal stirbt Dann schlafen ja auch noch die nachfolgenden Generationen drin Ich weiß nicht wie es euch geht Jasmin dankeschön Ich weiß nicht wie es euch geht Ich möchte nicht Dass meine nachfolgenden Generationen In dem Bett schlafen In dem sie gezeugt wurden Von ihren runzligen Alten Ja Das möchte ich nicht Niemand möchte das Niemand Es gibt niemanden Der sich danach sehnt Der sagt Oh wenn ich mal ein Bett habe Dann müssen meine Eltern drin gebummst haben Niemand sagt das So Das war früher so Ich habe keine Ahnung Nein Bitte nicht Und das Bett Ich glaube das Bett Hat dann ungefähr Nach diesem sehr langen Verkaufsgespräch Und das Bett war wirklich sehr gemütlich Und sehr toll Und dann sagte sie 30.000 Euro Und die Pan und ich Ich weiß nicht wie das funktioniert Aber In diesem Moment Synchronisieren wir Wenn solche Momente sind Synchronisieren wir Sofort Und dann stehst du da Ja das klingt ja plausibel So weißt du so Hm Achso ja Hm Okay Ja gut aber dafür hält es ja auch lange Nicht wahr So weißt du Ja Wir sind Wir haben uns verabschiedet Und haben gesagt Wir wollen das noch besprechen Und sind nie wieder In diesen Laden zurückgekehrt Denn Eigentlich wollte ich kein Auto kaufen Ich wollte kein Auto Ich weiß noch Ne ich weiß noch Dass es so viel gekostet hat Wie eigentlich ein Auto Also mehr als mein Mehr als mein letztes Vorletztes Auto inzwischen Ja Und das Nein Was der scheißen Move Was Dobolos Dankeschön Dobolos Vielen Dank Je länger die Vorrede Je teurer Ganz ehrlich Du hattest das erzählt Waren auf jeden Fall Über 20.000 Okay Ich habe jetzt drei Also ich weiß es war noch Auf jeden Fall in dem Bereich Und dann Ja Wir haben natürlich Und dann Du lässt dir natürlich nichts anmerken Also ich war da nie wieder Und wir haben uns glaube ich Wir haben uns glaube ich Ein Aufbaubett geholt Für hier Und haben uns dann einfach So eine Matratze draufgelegt Und das funktioniert super Die Matratze hat dann Wie viel gekostet 200 Euro So weit in der Richtung So Ja Nein Ja Die Matratze ist gefüllt Mit flüssigem Gold Hast du nicht gesagt Dass du jetzt um neun aufstehst Ich glaube du meintest Vom Stuhl Ich glaube auch Ham So Was machen wir jetzt Runde Runde Subnautica Oder was Nein Um Gottes Willen Der Plattenplatz Mir auch langsam Echt aus So 31 GB Habe ich noch Wo ist denn Hä Meine Mausfall ist weg Hä Ähm Hallo Ähm Maus leuchtet noch Ähm Ähm Warte mal Ich pack mal den Block Gerade weg Weil der verhindert Das effektive Bewegen Der Maus Ähm Der Hä Der Mausfall ist weg Hä Rechtsklick passiert nichts Aber die ist hier nirgends Oh ich weiß wo die ist Ich weiß wo die Maus ist Wen auf dem Boden sucht Na hier auf Hier auf dem Dingens Ähm Ich weiß wo der ist Ich weiß noch nicht wie ich von da aus wieder hier her komme Da ist er Da ist er Hab ihn Der war nämlich gerade auf dem Fernseher hinten Der ist ja noch von der E3 angeschlossen Das ist ja immer noch ein Bildschirm Gut Da ist der Mausfeil Hallo Mausfeil Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich an das Lied komme Die Dateien heißen alle Sound Eins, zwei, drei Ebene eins Außenbereich Wo war denn das Lied von Poki Draußen ne Tutorial eins Tutorial zwei Ich müsste Warte mal Ich muss ganz kurz Ich mach mal hier Pause Ich kann nicht beides auf einmal spielen leider Was ist denn hier los Äh das mach ich mal weg Ähm Ich mach mal das hier Mal gucken Geht das Hunderte Generalschlüssel Meiner war besser Aber die tun's auch Endlich Spiele Generalschlüssel Meiner war besser Aber die tun's auch Endlich konnte Edna die Anstalt betreten Es war nur noch nicht klar Durch welchen Eingang Spiele zu erdenken ist nicht halb zu trivial Wie man gemeinen annimmt Dazu braucht man unter anderem Gehirn Bindung aus Kautschuk Gutes Aussehen Ein Ideal Halt Stopp Letztes bitte streicht Hirn und Gutes Aussehen Reichen Doch mit neun von zehn Fällen Ist davon auszugehen Der Game Designer Hatte keine besseren Ideen Wenn er seine auch Charakter In ne dunkle Gasse schickt Und dort relevante Items In der Mülltonne versteckt Hump 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 Hahahaha Natürlich kommt es auch mal vor In sehr seltenen Fällen Dass das sehr wohl so gewollt ist Die Idee dahinter Gold ist Weil da ne Metapher hinter steht An der wer lang gefeilt hat Mittels eines Lineals Doch gut aussehen Hat niemals Der denn neun von zehn Fällen Ist davon auszugehen Der Game Designer Hatte keine besseren Ideen Wenn er seine auch Charakter In ne dunkle Gasse schickt Und dort relevante Items In der Mülltonne versteckt Hahahaha Der denn neun von zehn Fällen Ist davon auszugehen Der Game Designer Hatte keine besseren Ideen Wenn er seinen auch Charakter In ne dunkle Gasse schickt Und dort relevante Items In der Mülltonne versteckt Ach schön, schön ist das Wo war das? Oh man, die anderen Lieder Ich muss die Sounddateien Alle mal durchhören Das sind sehr viele Sounddateien Da muss ich mal Ich muss mir die Lieder mal zusammensuchen Sound 4 Lüge Sound 4 Wahrheit Ah Was wäre passieren Hätten wir gelogen? Komm, wir cheaten mal Und hören uns nochmal ganz kurz an Edna betrachtete Harvey Und überlegte eine Weile In ihrem Kopf Ich pass schon auf ihn auf Du willst sie mir echt überlassen? Aber sie ist doch so Pass auf, was du sagst Äh, 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 erwachsen? Vielleicht tut dir das ganz gut Aber wir haben uns doch gerade erst kennengelernt Es muss ja kein Leben wohl für immer sein Und bevor ich es vergesse Danke für deine Rettung, mein Held Ich sehe da Zeit wieder Danke, Edna Für alles Ich glaube, wir beide ziehen jetzt lieber los Bevor der alte Doktor wieder aufsteht Wir machen uns auch wieder in die Socken Oder was meinst du, Harvey? Oh ja Lass uns den Schuppen endlich wieder verlassen Okay, dann Wir wissen, was da passiert Das wissen wir jetzt, okay Ich fand unsere Entscheidung aber eigentlich richtiger Obwohl, ich muss sagen Emotional Hat der Hugo da jetzt nicht unbedingt Ein Feuerwerk abgepfeffert Als er erfahren hat, dass seine Eltern Verbrannt sind In seinem eigenen Feuer Da war der dann nicht so Ich hätte da beim Hugo gedacht Dass er vielleicht sagt Wenigstens Oh Mann Das ist ja jetzt doof Das, äh, ja Aber der hat irgendwie so Hm Ja, dann gehe ich mal, ne Okay, schade Puh Passiert Ich hasse es, wenn das passiert Ach ja So, okay Wollen wir nochmal Ich mache nochmal ganz kurz hier Mucke an Aber dann würde ich sagen Wir kommen auch mal langsam Ich werde dann gleich mal Huch Jetzt aber laut Ich kann jetzt ein bisschen lauter machen, ne Also ihr hört das, glaube ich, ein bisschen leiser Ich glaube, das geht alles Ich glaube, das geht alles Es ist übrigens sehr praktisch Vergessen zu haben, diesen Fingernagel zu schneiden Diesen einen Erstens, ich wusste nicht, dass das normal ist Und zweitens Es ist echt praktisch, weil man sich immer noch kratzen kann Und so Überall So, hier Das ist echt Das ist super Einen Fingernagel lassen zum Kratzen Nicht schlecht Gut, gut Ach schon, platz Ich bin der Landfuhr Dominik, auch dir Dankeschön Ach, mein Juru Ach, mein Juru Ach, mein Juru Dominik, Dankeschön Dankeschön Ist doch ein bisschen zu laut, ne Ich lasse meistens mit Absicht einen Nagel lang Ich habe daran nie gedacht Nie Und DeFru freut sich auch Kann ich noch kraulen Aber nicht den kleinen Finger Nachher denk noch, wer du kokst Ich bin ganz ehrlich So gut kenne ich mich da nicht aus Ist das zum Hier so, oder wat Hier auf dem Nagel drauf, oder wat Weil da machst du ja, glaube ich Ich kenne das so Tisch mit Kreditkarten Oder Rapper mit 100-Euro-Scheinen Die sich geliehen haben Für das Video Was habt ihr mit Gronke gemacht? Er sieht verprügelt aus Ich bin verprügelt Guck mal, Alter, hier die Perücke Von der Perücke noch hier der Streifen Als hätte man mir den Kopf aufgesägt Schön Kannst du noch was zu essen Und noch den Tisch jetzt durchschieben? Das kriegen wir hin Also heute mache ich das sehr gerne Es ist eine Lasagne Aber ich muss die Ich muss die einzelnen Etagen Muss ich auseinander bauen Und schieb die hintereinander durch Ihr müsst die dann wieder zusammenbauen Weil der Türschlitz ist ja sehr klein Aber das geht ja Der Koksnagel sagt man echt so Okay Darf man nicht in der Öffentlichkeit ansprechen Wenn man nicht sieht? Klar Das war noch nie ein Problem Lange Fingernägel machen mich immer kirre Was? Warum? Aber guck mal Die sind alle kurz Ich habe die alle geschnitten Aber ich habe den einen vergessen Diesen einen Und wenn ich mir das so angucke In der Kamera Dann triggert mich das selbst Aber es ist unglaublich praktisch Es ist wirklich Es ist super praktisch Ich habe da nie drüber nachgedacht Aber wenn ich das so sehe Sieht es irgendwie ganz komisch aus Ich hasse das selber Wenn ich das sehe Auslange ich es nicht sehe Am schlimmsten ist das Geräusch Wenn Fingernägel auf das Display An den Smartphones klicken Das habe ich nicht Das passiert mir nicht Dazu sind meine Fingernägel zu wurstig Ich versuche jetzt Ich versuche immer mit den Daumen irgendwie Aber die Daumen sind halt die größten Das ist noch schlimmer Chrissy Tina Dankeschön Chrissy Tina Dankeschön So Und Steve Ross So Lasst mal Donations Wir machen ja gleich Schluss Steve Ross Dankeschön Vielen Dank Aber lasst mal Der Zeigefingernagel Sieht aus wie ein Popelfinger Okay warte mal Antwortoption A Du gehst von dir selbst aus B Was Ich bin empört Oder C Das muss ich mal probieren So Das muss ich mal ausprobieren Das ist aber ein Lifehack Gut Gut So C Alle sagen C Alles klar So ich Aber ist das nicht Ist so ein langer Nagel in der Nase Nicht eher hinderlich Also ist das nicht eher Verletzungsgefahr Und ganz ehrlich Momentan würde ich auch gar nicht Popeln wollen Weil mit Erkältung Ist das echt nicht Das ist echt nicht gut Wenn es in der Nase kratzt Okay Aber so Ne Dann hängst du hier so Und hast ja so eine Golden Gate Bridge Einfach zum Finger Weißt du Das muss nicht sein Nein Damit kann man besser popeln Achso Okay Okay Ich sehe Besser baggern Ich sehe gerade Wir haben Wir haben Leute vom Fach Wir haben heute Nasengold ist Nasengold Wir haben Leute vom Fach heute hier Interessant Das sind aber echt Lifehacks hier Ja doch Man kann schnell anfangen zu bluten Rammst du dann irgendwie Ins Kleinhören So alter Frühstücke hier Jetzt wo du auf den Geschmack gekommen bist Mit dem Fingernagel Okay gut Interessant Interessant Man lernt ja nicht aus Hast du schon eine Einladung Zu GOG Galaxy 2.0 bekommen Ich habe keine Ahnung Es kann sein Es kann aber auch nicht sein Also ich hoffe ja Ich bin mir aber nicht sicher Weil ich habe ja im Urlaub Und da im Urlaub ja der Spamfilter aus war Weil der Rechner runtergefahren war Ähm War der Posteingang entsprechend äh Bunt Sag ich mal Der war sehr bunt So So Einen wunderschönen guten Morgen Alle die aufgestanden sind Und äh Ja Einen wunderschönen Arbeitstag Die geradezu arbeiten müssen Es tut mir wirklich sehr leid Ich hoffe es wird trotzdem sehr schön heute Sehr entspannt Mhm 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 Kannst du mir vielleicht sagen Weswegen bei Pan seit drei Tagen Keine Videos mehr kamen Äh Die Pan nimmt bald wieder auf Die war jetzt Quasi letzte Woche auch Äh Aus Gründen War sie Ähm Ähm Etwas raus Die war etwas raus Lieber Ferox Etwas mehr Verantwortungsgefühl Gegenüber seinen Fans Wäre auch nicht schlecht Es gibt Leute Die bringen sich um den Schlaf Wegen Gronk Lieber Ferox Es tut mir sehr leid Aber ich bin nicht für jeden Einzelnen verantwortlich Es gibt zwar sowas vielleicht Wie eine Reichweitenverantwortung Aber die reicht nicht so weit Dann müsste jeder Fernsehsender Sein Programm nachts abstellen Und Das Internet müsste nachts abgestellt werden Komplett Nur mal so als Tipp So Ich bin nicht jedermanns Mutti Ich benehme mich gern so Aber es ist nicht so So Wir sind Zuschauer Keine Fans Das hab ich jetzt Das hab ich jetzt einfach mal ignoriert Ähm Das kommt noch dazu Aber das hab ich jetzt mal nicht Das Ne Sonst sag ich das immer Aber ja Weißt du Bescheid So Wie nicht verantwortlich Für jeden Einzelnen Hab schon erwartet Dass du mich persönlich ins Bett bringst Chrissy Dich bring ich nachher persönlich ins Bett Ich weiß aber nicht Ob das gut oder schlecht für dich ist Ich hab keine Ahnung Es könnte Etwas awkward werden Hm Du siehst eins zu eins aus wie eine gute Mutter Gut das liegt natürlich an meinen zahlreichen Hautcremes die ich verwende Ja mein Gesicht ist noch sehr jugendlich und feminin Und das ist mir wichtig Und das ist mir wichtig Ja Mh 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 Aber ich zeige mich Ich zeige mich verantwortungsbewusst Ja ich möchte das nicht alles abschmettern Ich zeige mich verantwortungsbewusst Ich werde gleich den Stream beendern Damit die Kinder Ja damit die Kinder Die jetzt die Nacht durchgemacht haben Sich gleich bei Meckes Ein ordentliches Frühstück holen können Und ein Bier Am Kiosk Das wäre schön Das ist ja Wochenende Ja Das ist ja Wochenende Da müssen die heute nicht mehr im Werk arbeiten gehen So Dann geht's ja Wir haben heute Nacht Kitty Nachwuchs bekommen Uuuuh Metapher Was ist denn da passiert Das wird eine spannende Nacht gewesen sein Oha Gronkh bitte Ich bin erst 28 Entschuldige bitte Also kein Bier für dich Tut mir leid So Du bist also für Kinderarbeit Naja Gute Kinder müssen ausgelastet sein Und da helfen zum Beispiel Äh Soziale Tätigkeiten Wie Stahlwerk Schrauben sortieren Bei VW Ähm Oder vielleicht Wenn mal was in den Gulli fällt Da kommen die Da kommen so Stadtarbeiter Städtische Mitarbeiter Kommen da ja auch nicht ran Dann kann man auch mal ruhig In den engen Gulli Schacht Einfach mal ein Kind abseilen Das hat da Bewegungsraum Es hat Entdeckungen Es hat Ich weiß nicht was man im Gulli hat Teenage Mutant Ninja Turtles Da ist alles dabei So Gut Das ist einfach praktisch So Kinder wurden früher in Bergwerken zum Transport von Erzen eingesetzt Deswegen Deswegen wird ja auch noch Ähm Wegen der Kohlekraftwerke noch subventioniert Damit Kinder mal was zu tun haben Und nicht immer vom Handy hängen Weißt du Ich werde dafür gezahlt Dass ich Kinder für mich arbeiten lasse Was Was Der Döhler hat gestern auf Twitter bestätigt Cyberpunk 2077 für jeden sein Wird nicht nur für die Presse Das wird eine lange Schlange Oh Gott Es gibt manchmal diese Momente im Leben Ich mache das wirklich sehr selten Aber es gibt manchmal Ganz Wirklich ganz ganz selten Ich würde sagen Nicht mal einmal im Jahr Nicht mal so oft Aber ganz selten Vielleicht einmal alle zwei oder drei Jahre Spiele ich mal Die Gronkh-Karte aus Ich hoffe Das klappt auch nicht wahrscheinlich dann Bei Cyberpunk Weil der Döhler Der hasst mich Nein der Döhler ist super Ich wollte jetzt wieder eine Geschichte erfinden Aber dann hätte ich wieder Ich bin zu müde So Nein Also ich glaube Cyberpunk Oh Gott Cyberpunk muss ich mich reinschummeln Ich muss mich da wirklich reinschummeln Bei Cyberpunk Ich glaube das werde ich einfach machen Warte mal Ich dachte gerade Ich höre Schritte So Okay Leute Das war heute Ein Stream Der mich sehr überrascht hat Satisfactory Nehmen wir erst am Dienstag wieder auf Auch wegen gewisser Dinge Die gleichen Dinge Weswegen bei Pan Momentan nichts kommt Ähm Dinge Ja Dinge Ist auch egal Heute will ich mich gar nicht trennen Damit fing alles an Ja Ach man Ach man Ach man Ach man Aber Man ist ja nicht aus der Welt Ich gehe in Happen essen Bin bestimmt noch ein bisschen wach Ich werde jetzt noch nicht schlafen gehen können Ich werde Ich werde den Stream gleich nochmal einlesen Bei Premiere Oh noch 20 GB frei Das ist ja großartig Das wird bestimmt lange halten Ich werde den Stream noch bei Premiere einlesen Währenddessen Weißt du eigentlich woran Deadly so arbeitet Ja Also ich weiß natürlich nicht alles Aber Ich weiß Dinge Fragt mich aber sowas nicht Wenn ihr nicht getriggert werden wollt Also fragt mich doch sowas nicht Ähm Ich mach mir nochmal schnell einen Schluck Wasser Wo ist denn Da Bin noch ein bisschen durch Komm ein Schlückchen Wasser geht noch Prost Ich muss Ich muss das Küken besser zeigen Prost Stimmt An einem Gollum Spiel wird gearbeitet Streng nach den Büchern Aber nicht nach Filmvorlage Äh Ein Gollum Spiel wird es für Deadly geben Da wird grad dran gearbeitet Zusammen mit Middle Earth Entertainment Wie heißt die Middle Earth irgendwas Ich hab's vergessen Ähm Das weiß ich wohl Ich möchte jetzt einfach irgendwie in die Kamera gucken Mit diesem besonderen Blick Den ich nicht mehr hinkriege heute Und ich möchte einfach nur sagen Danke Weil ich einfach kein besseres Wort habe Ich hab kein besseres Wort Ich weiß nicht was Ich kann's nicht ausdrücken Ich hab Ich habe sehr viele Worte Aber dieses Wort fehlt mir Und ich weiß nicht Wie ich das jemals Irgendwie Wie ich das jemals Irgendwie Auch nur ansatzweise Erklären kann Was mir Diese ganze Reise Dieses ganze Das alles Ich weiß nicht Wie ich das Was mir das bedeutet Ich hab keine Ahnung Wie ich das Ja Man sagt einfach Man sagt ja eigentlich immer Es ist ein Teil von mir Aber ich glaube Zu größten Teilen Ist es ich Ich weiß nicht Wie ich das sagen soll Es ist wirklich Zu größten Teilen Inzwischen ist das Zu größten Teilen Mein Leben Und Leute können jetzt Natürlich sagen Ja Aber Das ist natürlich Sehr armselig Aber in Wahrheit Ist genau das Gegenteil Der Fall Es ist einfach So reich gesegnet Wie ich glaube Dass wenige Leben Es sind Tatsächlich Und das ist Stereo Wir müssen mal Ja Stereo Wir müssen auf Discord Irgendwie Ich hoffe Ich finde die auf dem Discord Oder schreib mir mal Deine Discord ID per Mail Am besten Dann kann ich dich adden Das wäre glaube ich Ganz gut Ja Wieso sollte das In irgendeiner Form Armselig sein Es gibt halt Leute Die können es nicht nachvollziehen Die können es nicht nachvollziehen Und naja Und dann geht mal eben Man geht mal lieber zum Fußball Oder ich weiß es nicht Keine Ahnung Aber es ist ja nicht so Dass ich außerhalb des Ganzen Tot bin Es ist einfach nur so Dass es einfach Dass das hier einfach So reichhaltig ist So reich An allem Oder an An Sachen Die ich persönlich Für mein Leben Wichtig finde Und das sind eigentlich Ehr so Tatsächlich Ja Positive Emotionen Ich weiß nicht Wie ich es sagen soll Schwierig Ja gut Nach einer durchgemachten Nacht Klar Da kann man natürlich Wieso bist du aus Kiel Wegezogen Beruflich Das war damals beruflich Ja Ja Vielen Dank Oh Mist das Aua Das ist Jetzt toll Jetzt wollte ich gerade eben Mich verneigen Und jetzt ist aber Das Kabel Vielen Vielen Dank Ich habe das aus Japan mitgenommen Auch wenn ich hier mit Leuten rede Und mich bedanke Verneige ich mich immer noch Auch an der Käsetheke Habe ich mich verneigt Als ich mich bedankt habe Habe ich gemacht Und ich fand es ehrlich gesagt Nicht schlimm Ich fand es eigentlich ganz gut Auch wenn Leute vielleicht Merkwürdig darauf reagieren Eventuell Ja Besuchst du Kiel noch ab und zu Ehrlich gesagt nein Ich war da schon ewig nicht mehr Ich würde gerne mal wieder hin Weil Kiel halt echt schön ist Ja Was hältst du von Gravity Falls Ich finde es unglaublich schade Dass da keine neue Staffel kommt Dass es da nie wieder Eine neue Staffel geben wird Gravity Falls war super Aber es ist zu Ende Woher kommst du Ich komme aus Braunschweig Dann aus Kiel Dann wieder aus Braunschweig Dann aus Köln Und dann von woanders aus Köln Und dann Als nächstes Mal gucken Das weiß ich noch nicht Hat sich was im Thema Rundfunklizenz geändert Ja tatsächlich ja Ähm Die neuen Regelungen werden vorsehen Dass man im Durchschnitt 20.000 Zuschauer haben muss Aber Da bei uns Da wir immer die Nacht durchstream Irgendwie aus irgendeinem Grund Und nachts viel weniger Leute zuschauen Liegen wir im Schnitt Liegen wir im Schnitt Tatsächlich unter den 20 Würde ich jetzt Nur Freitagabend streamen Und dann quasi um 12 Schluss machen Dann legen wir Ironischerweise Über den 20 Aber da wir länger streamen Mehr streamen Liegen wir drunter Und brauchen eigentlich Keine Lizenz mehr Es ist total bescheuert Es ist total doof Es ist total doof Ja 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 Sci-Fi EU Ne ne Mit den Umzügen Also ich bin ganz ehrlich Mit den Umzügen Die letzte Wohnung Vermisse ich kein bisschen Die anderen Wohnungen Da hänge ich immer so ein bisschen Da ist immer so ein bisschen So Letzte Wohnung Gar nicht Da ist wirklich Die war schön Aber das war's Und dann bin ich Ich bin wirklich froh Dass wir jetzt gerade hier wohnen Aber hier müssen wir Auch mal wieder weg So Dann ist Deutschland Bald niemand mehr betroffen Doch Monte ist betroffen Als einziger Der Monte ist betroffen Wenn der Monte aber Zum Beispiel Seinen Stream Nachts laufen lässt Und pennen geht Dann ist er auch nicht Mal betroffen Es ist ja Es ist komisch Aber Das ist der Durchschnitt Da zählt der Durchschnitt Ja Du musst ja Final Space Auf Netflix Anschauen Ich hab's neulich Zum zweiten Mal geschaut Final Space Ist super Ich hoffe Da wird's eine zweite Staffel Geben Aber ich hab da auch Keine Hoffnung Wegen dem Ende Der ersten Kleine Streamer Sind nicht mehr betroffen Soweit ich weiß Aber das muss ja Das muss ja erstmal Das muss ja erstmal Kommen Die Regelung Angeblich soll das Recht zügig gehen Aber warten wir mal ab So Warten wir mal ab Das wäre gegen die Twitch-Regeln Ja gut Dann lässt du was Altes laufen Halt ne Geht ja auch Wird der Durchschnitt Auf die Stunde berechnet Nein Der Gesamtdurchschnitt Glaube ich Final Space Staffel 2 hat angefangen Nur nicht auf Netflix Was Zweite Staffel Von Final Space Ist draußen Wo kann ich die sehen Wo gibt's denn die In den USA läuft die Aber wo Wo Auf Sci-Fi Oh ich hab kein Sci-Fi Es gibt ne zweite Staffel Final Space Ja Final Space ist echt super Es kommt am Anfang vor Wie ne blöde Alberne Cartoon-Serie Weißt du schon Aber Final Space Ist halt echt gut Und furchtbar Und gut Cool Okay Nice Freu ich mich Ich bin auch noch geduldig Ich bin geduldig Ich warte einfach Bis die Staffel hier kommt Besser als Rick and Morty Meiner Meinung nach Ja Rick and Morty Ist anders Rick and Morty Ist anders Ähm Final Space Ist äh Ernster Nein Gary Final Space Ist auf jeden Fall ernster Finde ich Meiner bescheidenen Meinung nach Zählt der Zuschauer Durchschnitt pro Kanal Oder pro Person Weil wenn pro Person Mach einen zweiten Kanal Und sagt keiner welcher Der ist Dann ist er null Nee das ist natürlich pro Kanal Um Gottes Willen Okay Okay Lieber Harvey Weil wir schon 30 Milliarden Jahre Diskussion darüber hatten Und immer noch gefragt wird So wie von dir gerade Wird das aber schon Tausendmal Können wir das Thema Frauen und Streaming Bitte nochmal besprechen Nee das hatten wir vorhin Ein bisschen Lese gerade Dass die 20.000 Zuschauer Im Schnitt pro Monat zählen Nicht pro Stream Aber das ändert doch nichts Wenn du Im Schnitt pro Monat Also ich hab jetzt zum Beispiel Im Schnitt Ich glaube Wie viele waren das 13.000, 14.000 Zuschauer Wir streamen nachts Wir hatten vorhin 9.000 Zuschauer Ja Weil der Hype vorbei ist Trademark Nee Leute gehen schlafen Es sind weniger Zuschauer Zieht den Schnitt nach unten Die meisten Stunden Die wir streamen Am Freitag Finden nachts statt Ergo Im Monat Ist der Schnitt Unter 20.000 Bam There you go So einfach ist das Oh im Schnitt um die 17k Ernsthaft 17k Ich dachte weniger Das müsste weniger Das müsste weniger sein Bei mir Die E3 hat hochgezogen Das war glaube ich 50k Bei mir müsste es auf jeden Fall Weniger sein Also E3 hat mal 48k War glaube ich spitze Friendly Fire wird drüber sein Klar Aber wie ist denn das Wenn ich in einem Monat Dann Friendly Fire Einmal hoste Muss ich dann sofort Lizenz beantragen Oder was Schwierig Dann mache ich einfach mal Die Benachrichtigung aus Und streame dann einfach mal Mal gucken was passiert So Lieber Cerano Dankeschön Was wäre dein zweiter Traumberuf Ich habe gerne programmiert Ehrlich gesagt Hat mir auch Spaß gemacht 17 Stunden Streamrekord Nein Wir hatten Bei Assassin's Creed Hat man 19 Stunden Aus Versehen Und die kann ich heute nicht machen Weil die Platte gerade vorläuft Ich wollte mich eh schon längst verabschieden Die Lizenz ist eine Schikane Und ein Witz Ja Naja Also ich ärgere mich darüber nicht mehr Weil ganz ehrlich Shit Der Shit ist gehappend Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit Nur darüber aufregen würde Würde ich mich ja selber nur runterziehen Also gucke lieber nach vorne Und kann immer sagen Ich bin zwei Fernsehsender Wo der eine nicht mehr läuft Juhu So Was sagen eine alte Schulfreunde über dich Ich habe keine Ahnung Ehrlich gesagt Die Zeit hat alle auseinandergetrieben Hast du einen normalen Mauszeiger Oder etwas anderen Ich habe einen ganz normalen Mauszeiger Ganz normal Ganz früher hatte ich immer Außergewöhnliche Mauszeiger Da war es immer ganz cool Mit dem Theme und sowas Aber Ja Inzwischen Das Positive aus dem Negativen ziehen Hat mal ein weißer Mann gesagt Ein weißer Mann Richtig, genau Deswegen bei der Rundenlizenz Ziehe ich auch das Positive raus Und immerhin kann ich sagen Ich bin Fernsehsender Lalalala Mach hin Du musst um neun wieder raus Invertierter Mauszeiger Beste Erfindung Ich hatte früher auch mal diese Mauszeigerspur Die man einstellen konnte bei Windows Fand ich toll Weiß gar nicht warum Und die waren halt eigentlich echt nervig Was ich gerne wissen würde Ist einfach mit der Rundenlizenz Ob ich jetzt eigentlich auch eine Frequenz kriege Das würde mich interessieren Müsste mir nicht eine zustehen Das würde mich interessieren Ist die Lizenz die du nun hast Nicht auch eventuell für geplante Projekte hilfreich Nicht, dass ich wüsste Ich glaube eher nicht Das Gute ist Ich kann sagen Ich bin Fernsehen Und wenn ich hier Zum Beispiel spiele Ab 18 spiele Dann gilt für euch Also dann gilt für den Stream Ne andere Altersbewertung Als für das Spiel Wenn ich also ein Spiel ab 18 spiele Heißt das noch lange nicht Dass der Stream ab 18 ist Denn USK ist nicht FSK So Das heißt Insofern profitiere ich eigentlich davon Ach ja genau Und ich darf draußen filmen Das stimmt Ich darf draußen filmen Ich kann einfach ganz normale Vlogs draußen machen Auch wenn Leute durch die Stadt laufen Das T-Shirt Ja Das T-Shirt Hier Da habe ich es gekauft Wow Oh Ich habe gerade falsch gesessen So Ähm So Bekommst du auch einen Presseausweis Müsste ich eigentlich Oder? Weiß ich nicht genau Ehrlich gesagt Ob ich das damit rechtfertigen kann So Habt ihr Hatschi gebesucht? Ja irgendwie immer Nur mal kurz Aber keine Fotos gemacht davor Haben wir ja schon gemacht So Freunde Ich würde auch langsam sagen Kann man die Philips Hue Lichter mit dem Fernseher benutzen? Ähm Da ich das ja momentan hier über die Sync App steuere Auf Windows Weiß ich es aktuell noch nicht Wie es beim Fernseher geht Ähm Kann ich dir Gerade nicht hundertprozentig beantworten? Ist eine andere Ich lese gerade Solltest du können damit? Achso Ne ist was anderes Ist was anderes Ähm Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich kann es dir nicht sagen Also ich kann hier Netflix gucken Und das beflimmert mich so Ähm Damit hatte ich es nämlich mal getestet Aber das war es auch So Freunde Tschüssi ne Ich glaube draußen ist hell Ich sehe es aber nicht Nur über Laptop und HDMI-TV Okay Philips TV Ah mit dem Philips TV geht das Okay Aber es gibt Da gibt es doch bestimmt auch so Irgendwelche Lösungen Oder? Also ich habe so viele Ich habe so viele Apps Dazu gefunden Irgendwas wird da noch zu basteln sein Irgendwer wird das doch irgendwie hingekriegt haben So Freunde Das war Ein Denk Ein meinerseits Von meiner Seite aus war das ein sehr denkwürdiger Stream Ein sehr denkwürdiger Stream heute Ich höre Vögel zwitschern Ich bedanke mich noch einmal Für Mehr als man glaubt Mehr als man Zu Zu wissen denkt Zu denken weiß Ach man Ihr wisst es ja Es Ja Das hat mich heute ein bisschen gelegt Muss ich sagen Das hat mich heute ein bisschen Und ich bin ganz ehrlich Ähm Es hätte eigentlich zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können Es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können Ich glaube ich werde morgen wieder Lust haben Aufzunehmen Ich bin mir ziemlich sicher Und die Lust hatte ich jetzt ehrlich gesagt eine Woche verloren Mit den Grüßen hätte er nicht gerechnet Ne Sirio hätte ich nicht Ich hätte mit vielem nicht gerechnet Mit vielem Da war so viel drin Aber die Grüße am Ende Die haben mich wirklich gekillt Die haben mich echt gekillt Ähm Ja ich glaube Vielen Dank So Viel Liebe Richtig schmalzige Glitschige Widerliche Liebe So eine richtige Influenza Liebe Mit Handleber und dem ganzen Kack Alles drum und dran So ein richtiger Fleischschlafsack aus Liebe So So Jetzt 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 habe ich die richtigen Worte dafür gefunden Schön Ich weiß nicht wie ich zum Ende kommen soll So ein richtiger Schweißgruß Gruß Retour Ich weiß nicht wie ich Das Lied passt auch gerade gar nicht Komm hier Hau mal ab mit dem Lied jetzt Mach das ja mal zu Ende Kann man von Grong Schadensersatz fordern Der Schmalz macht meine Boxen kaputt Schön Richtig widerlich So ein richtiger So ein richtiger Liebesgruß aus Griebenschmalz Wo man sich richtig drin suhlen kann Und später noch irgendwas drin frittieren So ein schmalziger Liebesgruß nämlich Genau so Ich klicke mich durch Ich weiß nicht was ich heute Ich weiß nicht was ich heute spielen soll Das Abschiedslied Also heute bin ich wirklich überfragt Ähm Das habe ich hier nicht ne Oh das habe ich hier nicht Das ist nicht auf Spotify Oh man Ähm Hätte ich ja auch mal vorher Aber wer wusste denn das Das so Also ich Da wusste ich nicht Das hätte ich ja nicht erwartet Ich weiß auch nicht mehr Wo ist denn das Äh hier I'll be your slave Das würde doch heute gut passen Oder Ähm Ähm Okay hier Ich weiß nicht wo ich das hatte Hier ist es Das wollte ich eigentlich machen Warte Ich gehe auf die andere Playlist Würde ich sagen Ich tu das schon mal rein Und dann würde ich sagen Vielen Dank Nee Nadel und Faden Nee Nadel und Faden ist es leider nicht Nadel und Faden ist es leider nicht Das habe ich Ich habe das gerade nicht so abrufbar Leider Muss ich erst raussuchen Und ich werde mir wahrscheinlich hier Von dem ganzen Von dem USB Stick Gucke ich mal was da für Lieder sind Das eine wollte ich mir vielleicht noch als Endscreen Äh nicht als Endscreen Als Endmusik Eventuell Ich weiß noch nicht Muss ich mal gucken Ich muss noch mal reinhören Auf jeden Fall Ähm Ich schalte schon mal rüber Auf den Endbildschirm Sonst komme ich wirklich Sonst Das wird hier sonst nicht passieren Sonst sitze ich hier noch bis 15 Uhr Ich will nicht Aber ich Ich muss wirklich So Und dann Mal gucken Ich hoffe Ich hoffe das war das richtige Lied Ich hoffe das war das richtige Lied Und es passt Oh Das war das falsche Nee Halt hier Ich hoffe Das war Ich glaube das war das richtige If you start to fall I will catch you And when you need to cry I will hold you If you get lost I'll go and find you I'll be your lighthouse Your lighthouse If you feel alone I'll be your company But if you need space I'll wait to silence Do you feel ashamed I will cover you I'll be your lighthouse Your lighthouse And when light Becomes a darkened ocean River down You'll conquer the sea Look for the light It'll lead us back To save shows When stories tell The greatest victories I'll be your lighthouse I'll be your lighthouse Your lighthouse If you lose the truth I'll be your reasoning If you bear it on It won't scare me It won't scare me Away To the very end I'll stay right I'll stay right next to you I'll be your lighthouse I'll be your lighthouse Your lighthouse When light It'll lead us back It'll lead us back To save shows Where stories tell The greatest victories I'll be your lighthouse Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, ähm, Entschuldigung, ich mach mal weiter, Moment Der muss noch sein Der muss noch sein Ay, 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 ay Ach, ay, 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 ay This, this is our world And this is our time These are our plans We're gonna let them shine This is our place In the human race So we won't stop dreaming Oh, we won't stop dreaming Look ahead We can see forever You and me Doing it together Light it up We can be a million stars Look at us Don't you see Don't you see we've come so far Don't you see we've come so far Yeah, we've come so far Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war ja eine wilde Reise heute Ja Danke, ne? Hab ich noch nicht gesagt, glaube ich Danke nochmal Ich wünsche euch Ein unglaublich Zauber auf das Wochenende Lasst euch nicht ärgern Und genießt ein bisschen die Freizeit Wenn sie denn da ist Und lasst euch mal drücken Ihr Doofen Entschuldigung Ach Mann So, ich geh jetzt frühstücken Ich geh jetzt zu McDonalds frühstücken jetzt Und dann am Kiosken Bier So Jetzt, jetzt, Mann So, ja 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 Ich komm hier nicht mehr raus aus der Nummer Ich wünsche euch Alles erdenklich Gute Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag spätestens wieder Wie gesagt, vielleicht ja auch zwischendurch Ich weiß es aktuell nicht so genau Ich muss morgen erstmal wieder aufnehmen Bevor gar nichts mehr auf den Channel kommt Ähm Das Schöne ist Ich glaube, das kann ich jetzt sehr viel besser Vielen Dank Hab ich, glaube ich, schon mal erwähnt Ich kann's nie oft genug sagen Immer einmal mehr wie du Und jetzt, ähm Lasst euch knutschen So richtig haariger, schlabbriger Knutscher Und wir sehen uns Ach, wir sind ja nicht aus der Welt Wir sind ja eh hier Twitter und so Weiß ja Bescheid Bis gleich Ich mach jetzt einfach mal ein Mikro aus Ach ja, und nicht vergessen Im Internet passiert jetzt natürlich wieder nichts Spannendes mehr Das Internet ist für heute auch schon wieder vorbei Deswegen gerne auch ruhig mal Äh, Computer ausschalten Und vielleicht draußen mal das tolle Wetter genießen Die Regenschauer Und die Hagelstürme Bevor bald wieder 40 Grad sind Und man sich darüber beschwert Da kann man ja heute nochmal ein bisschen über den Regen beschweren Oder was auch immer hier So Dankeschön Küsschen aufs Nüsschen Weißt du Bescheid Und, ähm Wir, wir lesen uns ja eh wieder Und wir sehen uns die Tage Bis bald So hier Küsschen Und ich mach Ich mach jetzt ein Mikro aus Weil sonst hör ich nicht mehr auf So, Mikro aus Bis bald Mikro aus Und dann war da noch die Sache Wo ich ja eigentlich noch erzähle Nein, ich bin jetzt wirklich weg Ich will nicht Merkt man das? Nein Ich bin jetzt wirklich so Bis bald Tschüss Tschüss Hab ich eigentlich schon erzählt Und dann war ja noch die Geschichte Wie ich bereits sagte Ist ja dann damals Und dann hat der einfach so von sich aus Ja, ja, man muss ja auch mal bedenken Dass die Molekularstruktur Natürlich einer kleiner Möbel Natürlich auch anders beschaffen ist Als ein Ja, und dann hab ich geträumt Ich wär ein Hund Aber das war nicht einfach nur irgendein Hund Ich hab einfach fett in den Park gekackt Und zwar egal Und dann bin ich aufgewacht Und hab festgestellt Ich war gar kein Hund Aber ich hab in den Park gekackt So, jetzt aber wirklich Gute Nacht Ich will nicht Aber ich geh jetzt wirklich Weil ich muss wirklich essen So Und schlafen Ja, schlafen wär vielleicht auch ne gute Idee Ja, ja, hast du recht Okay, jetzt aber Tschüsschen, Küsschen Hier Darauf fällt auch keiner mehr rein Das mach ich eh mit dem Mund Ist egal Meine Lippen sind sehr trocken Jetzt Mikro aus Jetzt aber wirklich Tschüss 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 Ich mach jetzt aus Bis bald Tschüss 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 Tschüss